Hallo und willkommen zu Pokémon Platin Randomizer Nazlock Challenge. Es ist wieder der obligatorische einen Tag im Jahr, in dem wir uns in das Abenteuer stürzen werden, diesmal mit Platin. Ich wollte eigentlich schauen, dass ich für dieses Jahr bzw. für diese Randomizer Nazlock Challenge eins der Generation 6 oder 7 Spiele mache, aber ich meine, die Remakes kommen in zwei Monaten raus. Wenn ich irgendwann mal noch von dieser Version einen Randomizer machen will, dann ist jetzt eine Zeit dafür. Und ja, wir haben streng genommen mal den Diamant Randomizer Nazlock gemacht. Das war vor sieben Jahren oder so. Es ist wirklich lange her. Falls ihr mit euch vertraut seid, wir spielen Pokémon Platin in der Randomizer Nazlock Challenge. Das bedeutet, dass wir diesmal eine Sache anders machen als üblich. Ich werde euch gleich sagen was. Das bedeutet, dass ich in die Mitte tippen muss. Moment. Nein, ja, jedes Mal, wie ich dieses Spiel anfangen habe, ich sehe meinen Mauszeiger nicht. Weil er ist hier auf dem Monitor. Dann gehe ich hier rüber und dann ist er weg. Hey, hey! Oh Gott, wie war das denn? Maus Pointer 1. Okay, ich habe es gefunden. Aber er war einfach weg. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich konnte nichts sehen. Auf jeden Fall, wir spielen Pokémon Randomizer Nazlock Challenge. Das bedeutet, wenn ein Pokémon in einem Kampf stirbt, werden wir es verlieren. Und es kann nie wieder in einem Kampf verwendet werden. Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2. Wir müssen jedem Pokémon einen Spitznamen geben. Das ist keine allzu wichtige Regel, aber wir werden uns trotz dieser Regel stellen. Regel Nummer 3. Der Charakter heißt M.O.P. Männlich. Warum? Weil es der Name ist, den bisher jeder Trainer, mit dem wir ein Abenteuer erlebt haben, getragen hat. Deswegen werde ich diese Tradition an diesem Punkt nicht beenden. Habe ich hier den Smaragd so genannt? Ich weiß es nicht mehr. Regel Nummer 3. Ich darf auf jeder Route nur das erste Pokémon empfangen, dem ich... Wir nennen ihn Jochen. Jochen gefällt mir. Okay, Jochen. Aber wir dürfen auf jeder Route nur das erste Pokémon fangen, dem wir begegnen. Und kein anderes. Und wenn ich den Fangversuch irgendwie verlieren werde, dann gibt es auf dieser Route kein Pokémon für mich. Geschenkte Pokémon darf ich trotzdem annehmen, sofern die randomized sind, wo ich mir gerade nicht sicher bin. Wenn die nicht randomized sind, dann weg damit. Und, ähm, ja. Was davon ausgenommen ist, von diesen Regeln, ist der erste Kampf und die erste Barut, bevor wir Pokébälle haben. Der erste Kampf ist davon ausgenommen, weil man kämpft gegen Starter-Pokémon, welches vor allem jetzt, wo es randomized ist, eventuell ein gutes Stück stärker sein kann als ich. Und ich will nicht einfach direkt nach dem ersten Kampf wieder das Ganze neu aufsetzen müssen. Vor allem kann ich sowieso wenig Kontrolle darüber, wie das ausgehen wird. Ihr versteht schon. Und, äh, ja. Das sind, glaube ich, größtenteils die Regeln. Ich habe diesmal aber eine Sache gemacht, um das Ganze ein bisschen... Oh, und alle Pokémon sind randomized. Das ist nicht mehr Type-Theme von den Trainern oder Arenen her. Es ist einfach alles komplett random. Bei einer Überlegung hätte ich die Arenen gerne nach einem gewissen Typen gehabt. Aber, äh. Ich habe die Einstellung dafür nicht gefunden. Auf jeden Fall. Ich habe aber eine Sache. Diesmal werden halt die Pokémon komplett random sein. Wir werden uns also nicht einfach auf einen Pokémon verlassen können in der Arena. Na, das wird, äh, kritisch. Ab Level 35 wird es erzwungen, dass alle Pokémon auf ihrer letzten Stufe sind. Das ist auch immer eine ganz nette Einstellung. Und eine besonders, äh, random, random Sache, die ich diesmal aktiviert habe. Was ist denn am See des Zorns passiert? Ihr Zornfassungszwertwerbs, der Gewinner? Hey. Hey. Erzähl dir nicht was vom See des Zorns. Ich, ich gehe jetzt einfach wieder. Geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnte ich angreifen, wenn ich ins hohe Gras gehst. Wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest. Aber, leider hast du keins bekommen. Genau. Was ist ich sonst noch? Oh, es ist Winter. Hallo. Ich habe die Auflösung vom Emulator übrigens ein bisschen höher gestellt. Die Häuser sehen ein gutes Stück weniger pixelig aus. Sind ein bisschen, es ist ein bisschen zu hohe Auflösung für den Charakter an sich. Aber, ich dachte mir, wenn die Option inzwischen schon da ist, sage ich das diesmal über Retro-Arch-Spiele, sollte ich diese wahrnehmen. Einfach, um es mal anzuschauen. Ach ja, und ich darf nicht ins hohe Gras. Was mache ich denn da? Ist ja gut. Ich gehe, ich gehe ja schon. Hier, ich gehe. Zu meinem Rivalen. Und, die Sache, die ich geändert habe, über die ich scheinbar nicht reden will, ist, dass ich Entwicklungen randomized habe. Das heißt, ein Pokémon kann sich zu jedem Pokémon theoretisch weiterentwickeln. Und, ich habe das Gefühl, das ist genau der Random-Faktor, den ich ja gerade mir gewünscht habe, ehrlich gesagt. Das heißt, diese Randomizer-Nastog wird ein Stück weit mehr random als es sonst typischerweise der Fall ist. Aber, es wird interessant, denke ich. Ich weiß nämlich nicht, wie das läuft. Ob wir davon Pokémon bekommen, die auf höheren Entwicklungsstufen sind. Oder ob ich zum Beispiel ein Pupita haben kann, das sich zu einem Raub hier entwickelt. Ich weiß nicht. Es kann vermutlich theoretisch alles passieren. Ansonsten sind wir natürlich zu Beginn von Platin auf dem Weg zum See des Zorns. Und Platin hat einen Vorteil im Vergleich zu Diamant und Perl von Generation 4. Und zwar hat Platin einen Vorteil, dass es nicht ganz so träge ist. Lass uns zu Professor Elbis Labor gehen. Aber da ist hohes Gras. Oh, oh. Da können wir nicht durchgehen. Das sind wilde Pokémon. Ähm, generell sollte ich sagen, ich bin dem Generation 4 nicht so gut vertraut. Das war nämlich, es war die Sache. Damals, als Generation 4 rauskam, ich hatte einen DS natürlich und sowas. Oh, und was ich noch anmerken sollte zum Rahmen. Moment, habe ich das angemerkt? Äh, da wir ein DS-Spiel spielen, ist das mit den Bildern her ein bisschen ungünstig. Habe ich dazu entschlossen, dass ich lieber den Rahmen haben will, als meine Käbe irgendwo noch rein zu quetschen. Und dementsprechend, also ein Bild von den sechs Pokémon. Ich habe das Gefühl, das ist, äh, die gehören dazu. Die sind wichtig. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass die wichtiger sind als ich in dem Fall. Ich habe mich aufgeopfert quasi. Was ich sagen wollte. Ähm, Generation 4 habe ich nicht so viel gespielt. Die Sache war nämlich, ich hatte damals eine DS, als es rauskam. Das Problem war aber, ich habe ein bisschen Schnee in meinen DS bekommen. Ich hatte ihn in der Tasche drin und da bin ich an dem Baum vorbeigelaufen. Damals hat es geschneit. Das war, wenn, äh, kühles, weißes Zeug vom Himmel kommen, würde ich das nicht verstehen. Auf jeden Fall, äh, ist dann mein, ich weiß auch nicht, was ganz passiert ist. Mein DS hat dadurch ein bisschen Wasserschaden davon getragen. Und die Farben des oberen Bildschirms waren dann alle negativ. Das heißt, ähm, ein Spiel, das auf dem oberen Bildschirm stattfindet, wie zum Beispiel Pokémon Diamant, äh, Pokémon Diamant und Perl, wie ich damals rauskam, waren für mich effektiv relativ unspielbar. Und dementsprechend habe ich mir statt, äh, Diamant oder Perl, ähm, damals Pokémon Ranger gekauft. Und, äh, das habe ich stattdessen gespielt, denn das hat komplett auf dem Touchscreen stattgefunden. Ja, mit dem Nachhinein natürlich, oder währenddessen auch immer wieder mal bei, äh, freuen, ein bisschen Diamant und Perl gespielt. Und er ist später dann auch selber gekauft, aber ich weiß nicht, irgendwie, der Funk ist nie so ganz übergesprungen zu 100%. Ups, wie soll ich das mitnehmen? Die reden echt viel, kann es sein. Vor allem ist das Problem für mich in den Spielen, dass sie echt träge sind. Aber gut, mal schauen, welche Pokémon wir haben. Äh, Starter-Pokémon sind auch wieder komplett randomized. Das heißt, keine Sache mit drei Stufen oder so, sondern einfach, einfach random. Triff bitte deine Entscheidung. Ich meine, das ist nicht so random. Ist überhaupt nicht random. Oh, Lapras, Jurob, Gastrodon. Ich schätze, es ist Zeit für, äh, Lapras. Oh, da ist es ein Starter-Pokémon. Und da ist eigentlich der Dialog aus irgendwelchen Gründen. Und wie ich gesehen habe, hat das Randomizer-Tool inzwischen übrigens neue Funktionen dazu bekommen. Und es kann sein, dass generell Funktionen, äh, variieren immer je nach Spiel und je nachdem aus welcher, äh, welche Region das ist und sowas. Und, ähm, wie ich gesehen habe, kann man, äh, bei Platin inzwischen auch nach Generation sortieren. Beziehungsweise vielleicht habe ich die Option damals auch immer übersehen. Das heißt, man könnte zum Beispiel in Generation 2 Randomizer machen oder so in Platin. Was, denke ich, interessant sein könnte. Okay, dann, äh, fangen wir an. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe das Gefühl, du wirst gegen mich verlieren, Jochen. Lazy Jochen. Lazy Jochen. Was hast du drauf? Oh, schaut euch Lapras an. Das ist eine Maschine. Das ist problematisches Movesit. Wir machen Gesang. Es geht daneben. Selbstverständlich geht es daneben. Heuler. Äh, der hat nicht den größten Einfluss. Was mache ich, wenn Juro Part 2 O-Absorber hat? Ich glaube, dann werde ich diesen Kampf verlieren müssen. Lapras! Sing doch! Ich hätte an dem Punkt zwei Aquaknar noch machen können. Gesang. Lapras, das ist das dritte Mal. Oh mein Gott. Ich meine, Juro greift auch nicht an, aber... Ist ein bisschen fürchterlich. Und ich muss sagen, das Kampfsystem generell... Okay, ein bisschen, was ich gehe direkt zu Aquaknar rüber, das ist dämlich. Aber das Kampfsystem aktuell wirkt auf mich schneller, als ich das gedacht hätte. Es ist halt die gute Sache, dass sie, äh, Platin ein bisschen schneller gemacht haben, als noch Diamant und Perl. Denn, mein Gott, Diamant und Perl waren so dermaßen langsam. Oh, das kommt Schnuss! Ich meine, die macht so viel Schaden wie mein, äh, Zeug, aber... Gesang! Dankeschön. Ich stelle mir mein Gesang immer vor, dass da das Pummelhoff-Lied gesungen wird. Ich bin aber bereit, einzunehmen, dass das an mir liegt. Ich freue mich übrigens, ehrlich gesagt, ein bisschen genauer zu spielen jetzt, äh, zu spielen. Zum einen, um den ganzen Spiel mal wieder eine Chance zu geben, weil... Ich, ich, ich hab's nicht so viel gespielt. Ich meine, ich mochte die Spiele für sich, aber... Denn der Funk ist die zu 100% übergesprungen, versteht ihr? Ich glaube, was ich an dem Spiel am meisten mochte, war, äh, dass man seine Poké-Bälle bekleben kann. Mach Heuler! Damit wir, äh, die Stärke von Kopfnuss etwas runterschwächen können. Und dann, dann hab ich das alles unter Kontrolle, keine Sorge. Nochmal Heuler. Es muss nur kein Volltreffer passieren und dann, äh, können wir das gewinnen. Ah ja, ich, ich bin, äh, relativ gespannt, wie es laufen wird. Lass uns an der Stelle auch direkt über die Remakes reden. Zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, sind wir zwei Monate vom Release der Remakes von Diamant und Perl, äh... Was weiß, strahlender Diamant und Glänzte Perle oder sowas. Sind keine so griffigen Titel. Äh, wir sind zwei Monate von dem Release entfernt. Bisschen über zwei Monate. Und, ähm... Ja, je nachdem, wie es laufen wird. Vielleicht werde ich, äh, nachdem ich den Randomizer gemacht habe, sagen, yeah. Jetzt hab ich Lust auf das Remake. Aber ehrlich gesagt, nicht so sehr. Ja, ich glaub, ich hab mehr Lust, die Originale zu spielen, ehrlich gesagt. Finde Arz hat auch sehr viel charmanter. Zumindest von dem, was ich bisher gesehen hab. Okay. Ich hab gehört, dass Fadi sich sehr auf die Remakes freut. Also, ich schätze, sie wird, dass wir, äh, wird die wohl kaufen. Oder eins davon, besser gesagt. Aber, wir haben diesen Kampf gewonnen. Okay, das hat, äh, überhaupt nicht viel zu lange gedauert oder so. Wie viele Erfahrungspunkte? 106. Oh, nein, was, das reicht nicht für ein Level ab? Lazy Jochen, wo ist mein Level ab? Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht. Und mein Puppern braucht auch Ruhe. Bis später, dein M.O.P. männlich. Den Anfang find ich seltsam auch von dem Spiel. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Warum, warum, warum beginnt mein Abenteuer nicht? Ja? Was ist denn los, Spatz? Liebes bisschen, hast du, was, das hast du alles erlebt? Tut Jochen, könnt von Glück reden, dass ihr auf Professor Albe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind? Und Pimenti, ich denke, du sollst Professor Albein Besuch abstatten. Er lebt in Sand, Gemme, oder? Da, äh, da du jetzt nicht mehr unter Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Okay. Zieh dir an. Die Turbo-Träter. Das sind auch vernünftige Schuhe. Die hätte ich im Sportunterricht gebraucht, ehrlich gesagt. Dann wiederum, es gab diesen kurzen Moment. Diesen kurzen, äh, Hauch von Glück in meiner Sportunterrichts, äh, Zeit. Das war in den Zeiten von, lass mich nicht lügen, der dritten Klasse. Und da war ich im 100-Meter-Lauf einer der besten aus der Klasse. Aus irgendwelchen Gründen. Ah, das hat sich sehr schnell wiedergelegt. Und ich, äh, bin meinem Schicksal als, äh, einem der, äh, schlechtesten, äh, Sportschüler nachgegangen. Das heißt, das war ziemlich cool. Ja, wir müssen zu Professor Albein. Oder wollen wir zuerst zum See des Dingens, nicht See des Zorns. Wollen wir zum See? Wahrheitsufer, das war's. Haha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, dass, äh, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, es ist hier. Denn das, äh, was, dann ist es das auch. Das steht sogar auf dem Schild da. Ach so. Äh, statische Pokémon konnte ich nicht randomize aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, legendäre Pokémon werden die gleichen legendären Pokémon bleiben. Der Fluss der Zeit. Der sich dehne in der Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Für sein, ruht euch aus, legendäre Pokémon. Der wässrigen Tiefen. Was willst du mit diesem dummen, was willst du mit diesem Trio? Das mich durchtretet zur Seite. Das ist, das sind keine guten Pokémon. Weder damals noch heute. Das Trio von dir konnte ich gar nicht leiden. Kiahun! Oh, oh. Wow, hast du das gehört? Ja, ob ich mir nicht. Das war der Schrei des Linken an Pokémon. Das muss es gewesen sein. Das gleiche ist der Plan. Wir fangen es ein. Warte mal. Was? Wir haben überhaupt nichts dabei. Wir können gar nichts einfangen. Uns fehlen die Pokébälle. Du weißt schon, die Dinger zum Einfangen. Ohne die können wir kein Pokémon einfangen oder mit uns herumtragen. Hm. Professor, äh, Eibe uns welche gibt, wenn wir ihn ganz nicht fragen. Okay. Da würde ich sagen, wir gehen zu Professor Eibe. Und wer zuerst in Sandgämme ist, der hat gewonnen. Am Wahrheitsufer können wir doch ein Pokémon fangen. Das heißt, das Bär hat im Hinterkopf. Ich werde aber die Route erstmal meiden, denn wir haben keine Pokébälle. Und dieser Encounter zählt nicht als ein verlorenes Pokémon. Geweih hat Level 2. Warum sind wir hier mal Wasser-Pokémon? Es dauert Jahre, bis ich die mit meiner Aquaknarre besiegt habe, aber ich sollte ein bisschen Training mitnehmen. Genau, das zählt nicht, weil es ist die erste Route. Das zählt in keiner nur entdenklichen Hinsicht. Also damit mache ich die erste Route, bevor ich Pokébälle habe. Ich muss sagen, teilweise sieht das ganz schick aus, dadurch, dass ich ja die interne Auflösung über den Emulator etwas habe hochgestellt. Ich meine, habt ihr die Blasen gesehen? Ich könnte schwören, dass die höher aufgelöst sind. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich kann es wirklich schlecht einschätzen. Sieht aber ganz schick aus, so weiter. Ich bin so froh, dass es nicht gerade so schnell spielt. Ich habe das Gefühl, das könnte der Run sein, der mich der Platin die Edition näher bringt. Platin habe ich übrigens auch mal durchgespielt. Also verstehe ich mich nicht falsch. Wie oft habe ich Generation 4 durchgespielt? Ich denke, 3-4 Mal könnten locker hinkommen. Wahrscheinlich öfter. Ich habe aber Platin nur einmal durchgespielt. Ich erinnere mich aber an die Zerr-Welt. Also, ich konnte mir irgendwie meinen ganzen Runs durch die vierte Generation nicht allzu viel merken. Aber ich habe es ein paar Mal durchgespielt, zu meiner Verteidigung. Ich kann mir nur nicht viel merken. Ja, und Warblu? Oh, ich weiß, welches Pokémon ich haben will. Wenn ich die Wahl hätte. Dann wiederum will es sich ewig nicht weiterentwickeln und Entwicklungen sind random. Und es lebt noch. Lapras macht keinen so guten Schaden aktuell, kann das sein? Vielleicht sollte ich mal nachschauen, was für ein Wesen Lapras hat, denn... Irgendjemand muss es tun. Irgendjemand muss der Typ sein, der das nachschlägt. Pokémon geben soweit akzeptabel viele Erfahrungspunkte. Lapras. Kein Item. Äh, zart. Zart müsste gut sein. Zart müsste Spezialverteidigung oder Spezialangriff sein. Denke ich. Bin mir gar nicht sicher und... ...wird jetzt auch nicht Poké-Wiki aufmachen. Oh, hallo. Lucia. Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Da ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Rums. Ich meine natürlich Bums. Jochen, was zum... Oh, du bist das Serum Pimente, dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Aber was soll Serum Pimente? Ich mache mich vom Acker. Bis dann. Mach dich mal vom Acker, mein Alter. Wow, was wäre das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Ja. Er ist der Prototyp-Rivale, den wir ab diesem Teil... ...in ungefähr jeder Generation bekommen werden. Außer Generation 6. Aus irgendwelchen Gründen hat man nämlich viele. Es gibt einen, der heißt Trubato-Tomato. Und das ist... Das macht die Rivalen überlegen aus Generation 6. Bist du ja auch Pimente, nicht wahr? Schauen wir uns doch mal dein Pokémon an. Was ist das? Der Pokémon hat sich bereits entwickelt? Hm, es war so... Warte. Oh mein Gott, das ist... Das ist super interessant. Ich meine, mein Pokémon hat sich nicht entwickelt, ganz offensichtlich. Das Lapras hat keine Babyform. Aber... Ah, es ist super interessant. Das ist ein Dialog dafür. Ich hatte keine Ahnung. Wenn man sein Pokémon bereit ist, bevor man hierher geht, zur Entwicklung bekommt, dann merkt er es sogar an. Ich bin mir sicher, viele von euch wussten das bereits, weil ihr viel zu viel Zeit im ersten Rund Gras verbracht habt. Ich meine, wir alle waren in der Situation. Ich persönlich habe die im ersten Rund Gras so viel Zeit verbracht, aber... Ähm... Oh nein, was hatte ich denn für... Ich glaube, das Sitzbank war der Name für Lapras, oder? Ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Was, Sitzbank? Ich glaube, ja. Aus irgendeinem... Irgendein Randomizer oder so. Ich weiß nicht mehr ganz wo... Äh... Ganz lag, aber... Ich glaube, das war hart geholt, oder? Ich bin mit dem Spitznamen zufrieden. Die gute alte Sitzbank. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne den Pokémon aus hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert, dass Kinder immer so ungestimmt sind. Bist du nicht selber 13 oder so? Aber du hättest mich schnell ungestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich ergeht es Lapras nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Lapras zu kümmern. Bis zum Tod. Es macht dich froh, zu sehen, wie freundlich du zu dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Was? Mein Pok... Was? Das war, ähm... Was? Was müsste sie? Wahrscheinlich will ich mir das Pokémon abnehmen. Äh... Wie du weißt, laut meinem Namen Aiwisch stiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche ein von Pokémon in Sinnoh leben. Das herausfinden muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Du kannst damit Daten über die Pokédex von Sinnoh sammeln. Ja, hm, gut geantwortet. Und wir haben den Pokédex. Haben den ganz verstanden, warum das Spiel damit anfängt, dass man die Aufgabe hat, ähm... Den Pokédex zu vervollständigen, was der Sache ist, die man nie wirklich macht. Aber dann, äh... Sagen sie, oh, hey, wie wär's, wenn du, keine Ahnung, einen Arenen machst oder so. Das ergibt irgendwie alles nicht viel Sinn. Aber vielleicht ergibt es mehr Sinn, wenn wir erst mal da sind. Mein erstes Pokémon war Panflam. Hättest du dich auf Route 201 für Panflam entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Ich mein, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Luchia. Ich helfe den Pokémon bei der Erstellung als Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ich bin nur ein paar Schritte voraus. Das ist alles. Das, äh... Da bin ich mir nicht so sicher. Denn ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber ich habe bereits ein Lapras, wenn du einen Panflam hast. Also, komm schon. Okay. Äh, wo bin ich? Ich habe ja ein praktisches Eid. Was solltest du mitnehmen? Oh, das ist wohl randomized, oder? Das ist eine technische Maschinenseite Attacke Rückkehr. Oh, was? Man startet hier mit Rückkehr? Oh, das ist so stark. Ich habe aber TMs randomized. Das heißt, äh, mal schauen, was wir bekommen werden. Es gibt die Einstellung, dass man einstellen kann, dass, äh, eine gewisse Menge von TMs, ein gewisser Prozentsatz tatsächlich gute Angriffe beinhält. Aber, na, das, das, äh, werde ich nicht machen. Dann komm schon. Wir müssen wendern. Wenn wir dumme Angriffe bekommen, dann bekommen wir dumme Angriffe. Wenn wir gute bekommen, dann gute. Oh, das ist ein Hit. Ich weiß, dass das ein Pokémon Center ist. Das ist der Markt. Hier kann ich Dinge kaufen. Im Supermarkt. Das ist einfach ein Supermarkt. Das gibt es ja wenig zu kaufen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Und für männlich musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du, Professor, einmal der Stellung des Pokédex hilfst. Okay. Die Frage ist, muss ich, äh, meiner Mutter Bescheid geben? Eltern ist ein bisschen, äh, viel ausgedrückt. Oder ich direkt hochgehen. Wir werden es gleich herausfinden. Scheinwerfer. Ein von geilen Licht der Spezialverteilung eventuell senkt. Oh, cool. Das, ähm... Das klingt ziemlich stark. Schauen wir mal vor, ihr habt einen Angriff der eventuell die Spezialverteilung senkt. Dann wiederum wird er wahrscheinlich auch, äh, ein bisschen Schaden machen. Also, sollte das wohl okay sein. Ich habe nur die Vermutung, dass Lapras nicht unbedingt das, äh, Scheinwerferpumpen sein wird. Dann wiederum sind, äh, randomizete TMs sowieso immer seltsam, weil sie nicht so ganz funktionieren. Das heißt, vielleicht könnte Lapras, das ist ja was wir schon nach. Wie viel, äh, Schaden macht Scheinwerfer? Oh, Lapras kann, äh, Sitzbank, Sitzbank kann, äh, Scheinwerfer lernen. Okay. Ähm... Ich denke, der Heuler kann weg. Ich würde sagen, der Scheinwerfer könnte unser Leben durchaus, äh, erleichtern. Okay. Kann ich hoch? Kann ich Pokémon fangen, oder... Muss ich jetzt zu meinen Eltern? Komm schauen. Äh, OP-Männlich, hast du deinen Eltern schon gesagt, dass du jetzt dem Professor helfen wirst? Hast du auch nicht, richtig? Ich weiß, du kannst komm mal warten, halt, ich will den Pokémon zählen. Aber du solltest deinen Eltern trotzdem Bescheid sagen, damit sie sich nicht sorgen, wenn du nicht nach Hause kommst. Und weggestoßen. Ist okay, ich gehe schon. Ich bin unterwegs. Ah, der Anfang von Generation 4. Ist langwierig. Es ist, wie ist das? Hallo, Erziehungsberechtigte von MOP-Männlich. Geht's dir um deinen Pokémon gut? Ruhe dich etwas aus. Was ist das? Was ist denn MOP-Männlich? Nein, Professor Albert hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Oh, richtig. Ich habe etwas für dich. Das Tagebuch. Was kann ich damit machen? Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse jedes Tages aufgeschrieben. Au. Au, eine reisvolle Abenteuer. Aber ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein. Du hast deinen Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Meine nur Spaß, Spatz. Wirklich, ja, ich bleibe hier und du gehst und genieß dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Was machst du euch den ganzen Tag? Also, ernsthaft. Oh, tut mir leid, aber ist mein kleiner Jochen hier. Tut mir leid, ich habe den Jochen nicht gerochen. Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt? Nur der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos, aber er wollte nicht, dass er das hier mitnimmt. Macht er keine Sorge, aber wie männlich wird ihm das bringen. Nicht wahr? Ja, ja, ich werde das Tagebuch bringen. Ein Paket. Mach's gut, irgendwie männlich. Genieß dein Abenteuer. Oh, ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinem Jochen. Okay. Was mir gerade einfällt, was ich noch machen sollte. Boom. Äh, Folge. Wir wollen nicht unsere Pokémon einfach austauschen können. Das wäre nämlich ziemlich cheap. Haben wir einen schicken Rahmen? Uh, der ist nicht schick. Lebkuchenhaus. Geschenk. Lila Gameboy. Karo. Schachbrett. Metall. Mir fällt das, ehrlich gesagt. Äh. Oh. Sind keine so coolen Rahmen irgendwie. Ich meine, der Retro-Rahmen wäre immer ganz nett, aber... Ich glaube, ich bin für Metall. Nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, aber ich glaube, es ist ein Fehler, den ich bereit bin einzugehen. Und jetzt gehe ich zurück und vielleicht können wir dann versuchen, Pokémon zu fangen. Oh, nicht mal ein wildes Pokémon. Oh, das ist es. Das ist ein gesegneter Run an dem Punkt. Okay. Okay. Hallo. Ich bin hier. Hallo. Oh, stimmt. Gefällt mir der Rahmen? Doch, ich glaube, ich mag ihn. Ich habe doch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange eins und du siehst zu. Einverstanden? Einverstanden. Das ist übrigens randomized. Oh, das ist eine Ironie. Ein wildes Cellast. Martin aus der 3B hat mir gesagt, dass er mal ein wildes Cellast gesehen hat, aber ich habe nicht geglaubt. Er hat früher schon öfter gelogen, was sowas angeht. Willst du mir sagen, wilde Cellast gibt es wirklich? Mein Gott. So, ein KP haben wir abgenommen. Es ist bereit für einen Pokéball. Ja, dann wirf doch mal. Langsam, aber sicher. Nur keine Eile. Ja. Du schaffst das. Eins, zwei, drei, vier. Sie hat runter B gedrückt. Ganz offensichtlich. Ansonsten hat er es nicht in dem Ausmaß geklappt. Okay. Kicher, siehst du? Siehst du? Das ist ja nicht klasse. Ich sollte meinen Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Zieh einen Pokémon so viele KP wie möglich ab, denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke im Schlafohr so versetzt, sind sie noch einfach zu fangen. Oh ja, wir haben Gesang. So ein Zufall aber auch. Ja, ja, ja. Ist okay. Lass mich Pokémon fangen. Der Anfang. Langwierig. Sehr, sehr langwierig. Wisst ihr, ich glaube, ich will ihn auch langwieriger machen, weil ich will die Leute mal anquatschen. Wenn ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich besser. So, nun kann ich ein Päuschen machen. Den sollte ich auch speichern. Wow, Pokémon sind so cool. Du kannst ihn Kämpfer einsetzen und damit stärker machen. Oh, ich hätte auch so gerne welche. Das wäre so cool. Das wäre ziemlich cool. Hier geht es nach Route 219. Hier liegt ein Item. Oh, das ist so ein gutes Start-Item. Sieh was? Ich glaube, mir gefällt das Spiel gerade grafisch sehr gut. Das ist alles... Ich mag den kleinen Pixel-Strand hier. Sieht alles sehr charmant aus. So, was haben wir hier? Haus von Lucia. Oh, hier wohnt sie also. Wer bist du? Oh, du bist sehr unpie-männlich? Ach, dann beschäftigst du dich doch mit der Poké-Dings. Äh, Poké-Dings, hilfst dem Professor. Wow, meine große Schwester macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Aufregende kleine Person. Oh, Professor Ai bist also zurück. Er ist wirklich ein bemerkswerter Mann. Er studiert Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seinen Forschungen. Wer ist dein Sohn? War sein Sohn und sein Enkelkind? Enkel wird wahrscheinlich Lucia sein, aber... Wer ist denn sein Sohn? Sie hat also einen Informationsguide auf ihrem PC. Dann wiederum, hier wohnt nicht nur sie. Ganz offensichtlich. Beziehungsweise nicht nur sie schläft hier. Reinfall mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Reinfall mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Na gut, dann... Gehe ich wohl wieder. Ich dachte, dass ich vielleicht irgendwelche Dinge geschenkt bekomme oder so, aber... Nein. Das Ding da. Das ist ein Pokédex, stimmt's? Jetzt wirst du die unterschiedlichsten Pokémon sehen, du Glückspilz! Dankeschön. Gleich können wir ins hohe Gras gehen, okay? Pokémon werden stärker. Nehmen Sie gegen andere Pokémon-Käfer. Treib's am Anfang an lieber nicht. Halt, dein Pokémon. Regenmäßige Pokémon-Center. Ja, 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 ja. Guter Trend. Achte darauf, dass der Pokémon nur KP haben. Ist okay. Das ist vollkommen okay. Das verstehe ich schon. Ich hätte auch gern genug KP, ehrlich gesagt, um zu leben. So. Und weil wir gerade den Nugget gefunden haben, was ein sehr glückliches Pick-up war, würde ich sagen. Wir verkaufen den Nugget und kaufen uns dafür ein paar Poké-Bälle. Die runde Poké-Bälle geht auf mich. Ah, Poké-Bälle. Wie viel kaufen wir am besten? Machen wir 15. Wir sollten auch einen Premier-Ball bekommen. Yes. Okay. Dann würde ich sagen... Hohes Gras. Wir haben drei Locations vor uns, die wir abklappern können, um potenzielle Pokémon zu fangen. Nummer 1. Es routet 201. Und es ist... Yo! Es ist wieder an der Zeit. Gluta ist zurück. Moment, es ändert sich in der Entwicklung. Aber dennoch. Du bekommst den Gluta raus aus der Nas-Lock, aber du bekommst die Nas-Lock nicht raus aus Gluta. Ich glaube, es hätte ich andersrum sagen sollen. Ich werde es einschläfern und dann werde ich es fangen. Ich kann es nämlich nicht schwächen. Ich habe das Gefühl, es wird weder ein Scheinwerfer noch eine Aqua-Knache überleben. Das Problem ist, die Fangquote sollte von Glomanda relativ bescheiden sein. Aber wir bekommen das hin. Schläft hier von fest? Äh, Bälle? Premier-Ball. Heute gönnen wir uns was. Oh, das ist prachtvoll. Bleibt drin. Das klappt nicht mal fast. Immerhin schläft es noch. Ich habe das Gefühl, dass wir Glomanda eventuell nicht fangen können. Die Fang-Chance von Glomanda ist nämlich echt nicht so gut. Oh Gott. Wir müssen es versuchen anzuschwächen, glaube ich. Äh, ähm. Das werde ich so nicht fangen können. Aqua-Knache oder Scheinwerfer? Aqua-Knache ist Step und ist damit, keine Ahnung, 50% stärker, glaube ich. Das heißt, wir werden von 35 auf ungefähr 52 Schaden. Und dann, weil es sehr effektiv ist, sollte es noch mal zu viel machen. Das heißt, wir haben ja potenziell einen Hunderter-Angriff. Außer ich hier errechne falsch, was ja wahrscheinlich ist. Wir suchen mal so einen Scheinwerfer. Ey, Glomanda wird den sowas von nicht überleben, aber... Oh, was? Ich habe die Stärke von Lapras deutlich überschätzt. Oh, Sitzbank. Das war ein Angriff. Jetzt können wir Glomanda fangen. Sobald der Gesang trifft. Ich hasse es, dass Gesang eine Trefferquote von 55 hat. Das ist einfach so dermaßen nervig, weil Trefferquote von 55 bedeutet übersetzt, dass es eine Trefferquote von 20% hat. Das ist sehr frustrierend, aber okay. Das hat jetzt relativ schnell noch geklappt. Pokéball! Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes! Gluta? Wisst ihr, was der ist? Yes, Gluta. Sie gehört ja uns. Lodert die Flamme auf seiner Schweifspitze hell. Ist Glomanda gesund? Jetzt will ich auch hoffen, dass du gesund bist. Ich will kein kränkliches Pokémon fangen. Manchmal frage ich mich, ob es mir noch möglich ist, irgendwie Pokémon neue Namen zu geben. Ich habe das Gefühl, dass es immer sagt, ein bisschen schwierig ist, die Balance zwischen alten und neuen Pokémon Namen zu finden. Bei vielen Pokémon, die ich fange, sagen, Leute... Oh, aber tatsächlich hattest du das vor acht Jahren in der SoulSilverDiggins Superrandomizer, in denen du dich absolut nicht mehr erinnerst. Und da hast du es ganz anders genannt. Und ich denke mir... Was? So, wie ich mich daran erinnern würde. Es sind ein paar hundert Pokémon, die wir in der Zwischenzeit gefangen haben. Ich habe noch keine Ahnung. So, was haben wir im Wahrheitsufer? Oh, das könnte schwierig werden, mit Pokémon zu fangen. Oder es könnte mich eventuell töten. Was hast du für Angriffe? Profusion. Okay, das ist relativ schwach. Ah, wir machen noch eine Aqua-Knarre. Das Problem ist, dass es eher Zwinger... Uuh! Uhuh! Labres, du Biest! Okay. Ah, es wird wahrscheinlich eher Zwinger hart. Nein, es hat keiner Zwinger. Okay, alles gut. Aber es ist auch keiner Zwinger. Haben nicht alle längeren Pokémon zu der Zeit der Zwinger-Sfähigkeit gehabt? Nein, ganz offensichtlich nicht. Okay. Die Fangquote von Cresselia sollte wirklich mies sein, aber wir haben es fantastisch heruntergeschwächt und haben eine Statusveränderung. Vielleicht reicht das, um das Ganze auszugleichen. Vielleicht auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter versuchen. Ich meine, Cresselia ist jetzt sowieso kein Top-Tier-legendeeres Pokémon. Sie hat ein mythical Pokémon, aber... Wenn wir es mitnehmen könnten, würde ich mich nicht beschweren? Oh Gott, mein Herz war stehen geblieben. Ich dachte, es könnte klappen. Mist, das war knapp. Das war nicht mal ein Verflichst. Oh Gott, tu mir das nicht an. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das macht Doppelteam. Oh nein. Nein, 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 nein. Doppelteam ist der letzte Angriff, den ich... Oh mein Gott. Sitzbank. Was für ein Gesang. Doppelteam ist so ein nerviger Angriff, den will ich hier nicht sehen. Beute. Bälle. Pokéball. Versuchen wir runter B. Jetzt. Ja? Nein, nein. Es hat aber besser geklappt, als wenn ich nichts gedrückt hätte. Und das ist ein Fakt. Schläft tief und fest. Sehr schön. Äh, wie lange will ich das Ganze versuchen? Ich mache nämlich auch ein bisschen Sorgen, wenn es so auf Doppelteam einsetzt, dass ich da nicht mehr wirklich in der Lage sein werde, das zu besiegen. Und ich würde meinen Azor gerne ungern wegen Xillia verlieren, aber wir werden sehen. Schläft tief und fest. Ich denke, ich werde bis maximal 10 Pokébälle runtergehen. Weil, ich meine, die Fangquote ist wirklich niedrig. Ich glaube, wir werden an dem Punkt sonst einfach nur Zeit verschwenden. Ich meine, das habe ich auch schon bei Glomander gesagt, aber... Diesmal ist es wirklich so. Doppelteam. Okay, wisst ihr was? Nein. Nein, 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 nein. Die ganze Situation wird mir gerade zu heiß. Ich mache dir Gedanken. Es macht nicht viel Schaden gegen mich. Ich mache dir Gedanken, dass ich es fangen könnte, aber... Ich weiß nicht, ob ich vor Xillia fliehen kann. Es könnte zu schnell sein. Ich glaube, ich habe keine Heilungs-Items. Und... Das mit dem ganzen Doppelteam, das macht sich nicht gut. Das ist keine gute Voraussetzung für mich. Dementsprechend, der wollte es lieber besiegen. Ich meine, die Fangschank war generell gering. Und ich will echt ungern Pokémon verlieren, deswegen. Dann würde ich sagen, wir hängen uns mal eben auf. Und dann schauen wir uns kurz noch unseren Gluta an. Und dann sind wir fertig für heute. Beim nächsten Mal wird unsere Reise richtig losgehen. Ich schaue die ganze Zeit zur Kamera, die nicht an ist. Das ist ungewohnt. Gluta. Ich hoffe, du bist aber kein Gluta. Liebt Kämpfe. Hast Niederlagen. Ich sehe schon, ihr habt einiges gemeinsam. Kratzerheuler. Ich schätze, wir werden Gluta mal ein bisschen trainieren als nächstes. Und dann würde ich sagen, ich speichere ab. Und wie das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Platin in der Randomizer Nasok Challenge. Ich hoffe, ihr seid bereit. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Gute Nacht mache ich natürlich. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin. Randomizer Nasok Challenge. Es ist Pokémon Platin, nicht Diamant. Beim letzten Mal haben wir das Spiel angefangen und ich habe Lomander gefangen und der Lapras als Starter-Pokémon es ziemlich cool war. Wir sind dem Elkrisseya begegnet, aber ich hatte große Angst, dass ich gegen es verlieren werde. Ähnlich gilt es für Schlappohr gerade. Da würde ich doch sehr gerne zur treuen Sitzbank rüber wechseln. Schlappohr macht Pfund. Macht nicht allzu viel Schaden. Ich muss sagen, Sitzbank ist ziemlich tanky bisher, was mein Leben ungemein erleichtert. Schlappohr wäre auch ein cooles erstes Pokémon gewesen zu fangen. Weil ich habe noch nie einen Schlappohr trainiert. Hm, vielleicht eines Tages mal. Und ja, es wäre definitiv zu stark gewesen für Lomander. Auch wenn es aus irgendwelchen Gründen nur die ganze Zeit Gesichter einsetzt, aber ich vertraue ihm ganz nicht. Und nochmal Aquaknarre. Platscher. Der König der Angriffe. Obwohl ich jetzt mein Kratzer bleiben soll, ein Schlappohr. Aber das weißt du nicht von mir. Das wird gute Erfahrungspunkte geben. 38. Nein, reicht für Level ab, für Sitzbank. Level 7. Maximal Kaffee plus 4 und Spezialverteidigung plus 3. Konfustrahl. Oh, das ist so gut. Weg mit dem Weißnebel. So, wie ich Weißnebel jemals einsetzen würde. Ich kann mit Pokémon auch einfach rauswechseln, wenn seine Set-Soft gesenkt wurden. Was gibt es hier unten eigentlich? Nichts? Na ja, cool. Dann gehe ich mal hier oben weiter, würde ich sagen. So. Ah, Pokémon Setter. Wir erhalten unsere Pokémon. Und dann würde ich sagen, wir gehen recht weiter ins nächste Ruhe Gras und schauen, ob ich was fangen kann. Ich glaube, ich sollte noch kurz nachprüfen, ob das da vorne eine andere Route ist. Da bin ich mir, glaube ich, wieder unsicher. Ich glaube, nämlich über Sandgamer war ebenfalls wieder Route 201. Also, lass mich das kurz nachprüfen. Nicht, dass ich hier einen fatalen Fehler mache und die ganze Nasog-Challenge ungültig sein wird. Route 201 war das. Und das ist Route 202. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Was ist mit dem anderen Baum, der anders aussieht? Wahrscheinlich ist er ein bisschen mit Schnee bedeckt. Nichts verwechseln mit Schnee bedeckt. Du bist Pokémon-Trainer und das geht auch für mich. Lass uns kämpfen. Okay. Wenn du in den Kampf willst, dann sollst du einen Kampf bekommen, mein guter. Ein Girafarig. Level 5. Kein Risiko eingehen. Kein unnötiges Risiko eingehen. Gluta ist noch nicht bereit. Wenn Gluta erstmal in Glut kann, dann können wir drüber nachdenken, damit mehr zu kämpfen. Aber so? Näh. Bin übrigens wirklich gespannt, zu was der Gluta sich entwickeln wird. Ich weiß nicht ganz, ob das eine gute Entscheidung war, die Entwicklungen zu randomizen. Aber ich glaube, es wird interessant. Und es wird dumm. Und es wird fürchtig. Es wird frustrierend. Es wird mein Leben erleichtern. Es wird mein Leben erschweren. Es wird einfach alles passieren. Ich wünsche wirklich, dass Sitzbank ein bisschen mehr Damage machen würde. Aber dafür hält Sitzbank eine Menge aus. Man hat ja gesehen, wie viel Schaden Cresselia mit Konfusion gemacht hat. Effektiv gar nichts. Und das ist soweit ziemlich gut. Gluta erreicht Level 4. Und Gluta erreicht Level 5. Lernst du Glut? Gluta! Artist's God. Zu stark, einfach zu stark. Richtig ein Künstler, der Scott, wie mir scheint. Du willst auch kämpfen? Was sehe ich denn da? Einen Trainer! Einen Kampf, bitte! Oh, ich hätte gerne einen Kampf zum Mitnehmen! Rich Boy Cammy. Typisch. Typisch kritisches Pokémon. Pflanze ist nicht so gut für... Oh, Wachstum ist... Oh nein. Das könnte ein Nasrkiller sein gerade. Volltreffer. Das ist nicht gut. Auf Wachstum zu machen. Wer es einen Pflanzenangriff hat, dann haben wir ein großes Problem. Jetzt hat mich sein Spezialangriff gerade verdoppelt. Eventuell kann es aber auch nur Wachstum. Ich weiß, es ist immer noch Level 5. Nach wie vor setzt es Wachstum ein. Wachstum sollte 35 AP haben. Das heißt, ich mache mir auch mal um Verzweifler nicht zu viele Sorgen. Ich weiß auch gar nicht, ob Verzweifler überhaupt von irgendwelchen Statusveränderungen betroffen sein wird. Und wenn, dann wird der Verzweifler wahrscheinlich auch ein physischer Angriff sein. Aber ich bin mir da echt unsicher. Ich glaube, Verzweifler ist eher so ein Angriff, der irgendwo im Limbo sich befindet. Fürs Protokoll. Verzweifler ist der Angriff, den Puppen einsetzt, wenn sie keine AP mehr übrig haben. Ich denke, es ist ein Angriff, der nicht wie ein Volltreffer oder so relativ unbetroffen von sowas ist. Mit irgendwelchen Statusveränderungen. Level 6 für Gluta. Und Level 7 für Gluta. Das war eine EP-Bombe für Gluta, würde ich einfach mal sagen. Danke, Rich Boy Cammy. Das hat mein Leben ungemein erleichtert. So, dann will ich mein Pokémon mal eben nochmal wechseln. Denn Sitzbank kann Gesang. Und Gesang hilft uns ungemein dabei, Pokémon zu fangen. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Der Rock! Okay, los geht's. Fünf Fußstrahl. 100% Trefferquote. Damit fangen wir an. Wie willst du reagieren, Regirock? Verletz dich selbst. Verletz dich selbst. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Yes! Sitzbank, du Maschine! Huh. Gott, ich hatte den Koppel wieder vergessen, dass die Regis sich immer in die Luft sprengen. Wir haben das überlebt. Uh, okay. Okay, okay, okay. Ich gebe mich mal eben auf, fein. Aber ich würde sagen, damit wäre auch diese Route. Wir haben aktuell eine hohe Dichte an legendaren Pokémon, was nicht so gut ist. Aber dafür habe ich ja auch eine Regel, die ich der an verstorbenen Pokémon. Das heißt, ich denke, das gleicht das Ganze wieder ein bisschen aus. Und das war kritisch. Ich war mir so sicher, dass das schief gehen wird. Also. Auf ein neues ziehen wir los. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, der hat Erfahrungspunkte. Ach so. Cool. Ja, danke, dass ihr das auf dem Schild aufgestellt habt. Diese Information, die man sehr leicht aus dem Kontext entnimmt. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Ich hoffe, du setzt kein Regirock ein. Ehrlich gesagt. Artist Landon. Ein Myrapla. Es ist gefundenes Fressen für den Gluter. Denn der Gluter ist ein guter. Glut. Jetzt weißt du, warum er Gluter genannt wird. Er wird nicht Gluter genannt, weil er kein Glut einsetzt. Und Glut. Okay. Das war doch schon mal ein guter Gluter-Angriff. 82 Erfahrungspunkte. Was? Warum gibt es so viele? Und warum braucht Gluter so wenig für ein Level ab? Ich sehe, wie die 82 Erfahrungspunkte den Balken vollgejagt haben. Das war ein bisschen erschreckt. Also beide auf Level 8. Dann können wir Gluter nach vorn lassen. Auf welchem Level entwickelt sich Lomanda weiter? War es Level 16 oder Level 18? Bin mir nicht sicher. Und was für ein cooles anderes Pokémon-Netway haben können. Okay, ernsthaft. Was ist das aktuell? Was soll diese Dichte an legendären Pokémon? Ja, das ist ein Angriff, Gluter. Lass dich nicht von der Psi-Welle beeindrucken. Das hängt mich daran, dass ich mal Somnium in meinem ersten Pokémon-Schwarz-Run trainiert habe. Und Psi-Welle war sein einziger Angriff, der Schaden gemacht hat. Das war ein bisschen nervig. Das war einfach schwach. Das ist ein guter... Oh mein Gott, ist recht. Was für Level 9? Eine Durin-Bäre? Cool. Naja, das ist eine Sache. Wenn man die Items schaffelt, findet man die ganze Zeit in irgendwelche Bären. Hi, Amopi-Männlich. Fängst du Pokémon? Du wirst dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du noch ein paar fängst. Vielleicht musst du ja mal an irgendeine Orte reisen oder so. Oh, ich weiß. Gefühle ist dir nicht mehr, um auf Pokémon zu wissen. Aber klar, gefühle dir das. Und ich kenne genau den richtigen Ort. Los, komm mit, nicht so schüchtern. Gehen wir jetzt zur Schule. Zur Pokémon-Schule. Oh, das ist ein Hit hier gerade in dieser Gegend. Was macht dieser Typ dort? Ich sehe keinen Typen. Ich sehe nur eine Straßenlaterne. Ich weiß leider nicht, was du meinst. Was? Warte, ich könnte schwören, ich habe dir jemanden vorbeihuschen gesehen. Äh, was? Oh, wie konnte dir das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlaft? Ich habe gar nichts entlaft. Ich dachte, du wärst eine Laterne. Wie bitte? Was haben sie gesagt? Ich wollte doch nur etwas plaudern. Aha, eine normale Plauderei soll das also sein. Das glaube ich keine Sekunde. Mich fühlt man nicht so leicht unter das Licht. Ihr habt sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Ich bin ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Gut erkannt. Daher habt ihr mich angesprochen. Ist nicht so. Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist, ja, sie ist ganz herausragend. Furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine Game-Entität für euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich vorstellen. Ich höre zur Elite der internationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbaren Fälle aufzuklären. Mein Name. Mein Name. Tut dich zur Sache. Vergess ihn einfach wieder. Wie ich ihn, äh. Wie? Ich hatte ihn nicht gesagt. Ist ja auch egal. Nenn mich LeBelle. Trägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn mir selbst ausgesucht. Sag mal, ist eure Redewendung Sei kein Dieb zufällig bekannt? Die Redewendung. Äh, nein. Ehrlich gesagt nicht. Wie? Erkennt sie nicht? Das kann ja nicht sein. Bestimmt hat eure Mama das oft genug gesagt. Ihr habt nicht zugehört. Ja. Sie hat ständig gesagt, sei kein Dieb. Ich erinnere mich an jedes Mal. Seid gut zu, meine Freunde. Schreibt es euch hinter die Ohren. Es ist unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr? Dass es sind Sinn und Kriminelle gibt, die anderen ihre Pokémon stehlen. Nun habe ich den Auftrag, verdächtige Subjekte ausfindig zu machen. Mit meiner Spürnase und meinem Genie wird diese Mission zu euren Kindern spielen. Ihr seht mir wie Trainer aus. Da habe ich doch richtig gekannt, nicht wahr? Vielleicht hilft euch ja das auf eurem Erwägen weiter. Das ist eine Kampfkamera, wozu sie dient? Das habe ich schon erklärt. Habe ich nicht? Na gut, in dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu doch topmodisch. Ich will sie ja verwenden. Schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Bevor wir scheiden, muss ich euch um etwas bitten. Sollt ihr uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl, doch, doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin doch nicht einsam. Was für ein Quatsch. Ihr müsst von Schirken berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten. Scheint, als ob die Arbeit für die Tatsache der Polizei eine ziemliche Herausforderung ist. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Hier ist die Trainerschule. Trainerschule, na, wer sagt schon alles? Vorhin ist dein Freund Jochen eingegangen. Ah, wahrscheinlich ist er drin am Lernen. Muss man hier nicht drei Clowns finden oder sowas? Oder verwechsel ich das gerade? Ich kann mir beides vorstellen. So, heilen meine Pokémon bitte. Ich weiß nicht, ob einer von den NPCs hier irgendwas halbwegs Interessantes zu sagen hat. Ich tippe auf Nein, aber... Mal schauen. Nein, 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 ich möchte nicht. Ey, ey. Oben befindet sich der Konnex-Club. Langweilig. Okay, mit dem rede ich nicht nochmal. Mit dir. Weißt du, dass Pokémon sich nach Typen unterscheiden? Wie Wasser, Feuer oder Pflanze? Alle diese Typen haben Vorteil, Nachteil gegenüber anderen Typen. Achso. Cool. Interessant zu hören. Ach, ich glaube, ich habe nicht eingestellt, dass jedes Pokémon jede VM lernen kann. Das ist nicht gut. Hier befindet sich der Slobale Terminal. Oh, du hast noch keinen Ordner. Tut mir leid, aber der Slobale Terminal steht nur Trainer mit Ort zur Verfügung. So ein Pech. Ey, ey. Wenn ich einen Ordner habe, würde dir diese Aussage leidtun. Ah, ich würde das gerne mitnehmen. Eisheiler. Puh. Frostick. Hey, und wie man, ich bist auch hier, um was zu lernen? Ich habe also auswendig gelernt, was in der Tafel gestanden hat. Schließe ich euch als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Was machst du hier? Was? Du hast was neu? Du hast was für mich? Oh ja, das Paket soll mir noch übergeben. Und was ist das? Klasse, das ist eine Karte. Oh, wieso sind das gleich zwei Karten? Das ist ja klasse. Ich brauche nur eine. Eine Karte. Erinnere mich an die Zeit, als wenn man Karten gebraucht hat. Das ist lange her. Wenn ich die Karte betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzelingen gehen. Dort gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf den Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Auf dem Weg bin ich zufälligerweise gerade auch. Trainer-Pokémon sollte eigenes Tempo für Entwicklung finden. Ja, ja, ja. Ich habe nur die Hoffnung, dass mir hier irgendjemand ein Item gibt oder so. Ich klicke einfach mal eben durch. Ich denke, sie werden mir nur Zeug erklären, aber... Schnellstelle mal etwas, indem man es einfach tut. Können wir kämpfen? Ja. Los, mein Pokémon. Okay. Ace Trainer Mia. Sobiris. Könnte kritisch sein. Wird es aber nicht, denn der Gluter... Wisst ihr, was der Gluter einsetzen kann? Oh, X-Antriff. Das ist ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Los, Gluter. Immer weiter, Gluten. Lass es gluten. Lass es glutschwitzen. Und schwitzen. Oh, dann machen wir nochmal Glut, denn Gesicht der war... Keiner Angriff hätte weiterhelfen mit Zubiris. Ich hoffe, wir bekommen irgendwann Zubiris. Das wäre ziemlich cool. Zubiris ist ein gutes Pokémon. Warte mal, wir hatten... Wir hatten... Wir hatten den Diamant damals in Zubiris. Das hat irgendeinen dummen Namen gehabt. Aber wir hatten eins. Warte mal, ich habe die Items nicht effektiv eingesetzt. Das habe ich irgendwo in einem Schneegebiet gefangen. Ich erinnere mich. Dunkel. Aber ich erinnere mich. Ich habe mich gerade erst mit meinen Pokémon angefeuert. Daher weiß ich nicht, ob es klug ist. Aber können wir gegeneinander kämpfen? Yeah. Dann probiere deine Dinge aus, die du gelernt hast, bevor du sie wieder vergehst. Es ist wichtig, das Gelernte zu festigen. Ein Yu-Gong. Aber noch wichtiger ist es, zwischen dem Lernen eine kleine Pause einzulegen, damit sich das Gelernte noch besser festigen kann. Konfustrahl. Ich glaube, mit Konfustrahl werde ich jeden Kampf beginnen, denn Konfustrahl ist einfach so ein guter Angriff. 100er Trefferquote. Und der Gegner wird verwirrt. Das ist einfach... Das ist einfach so gut. Das ist einfach nur wirklich gut. Aber was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ah, Scheinwerfer ansonsten? Scheinwerfer nicht der Angriff von Latias und Latios oder sowas? Yeah. Das will ich sehen. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es war irgendwie der Rapp Pokémon-Angriff. Vor allem hat man auch nur 5 AP davon. Das ist ansonsten für den Angriff hinter 70er Stärke ziemlich ungewöhnlich. Die Verwirrung leistet gute... Ey! Ey! Komm schon! Ich weiß nicht, ob man Gegner das macht. Oh, und wisst ihr, was ich auch noch als Regel einführen werde? Ah, ich darf jedes Pokémon pro Kampf nur einmal heilen. Denn sonst werden wir in die Situation kommen, in der ich mich leider in Pokémon Smaragdien, beziehungsweise in jeder Naslog, befunden habe. Wo ich einfach mich durchkämpfe, durchheile. Indem ich einfach 20 Tränke spame oder so. Aber das ist auch nicht die Feine-Art. Deswegen, ähm, jedes Pokémon darf nur einmal pro Kampf geheilt werden. Das ist auch noch eine Regel. Es ist mir nur gerade eingefallen, wo der Gegner sich geheilt hat. Sonst ist das Ganze immer sehr, äh, cheap. Habe ich das Gefühl. Weil irgendjemand von deiner Freundin hat ein cooles Item für mich. Du. Oh, Pokémon können Items tragen. Hey! Aha, 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 aha. Ja, 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 okay. Äh, warte. Hm, wer hat jetzt ein Item für mich? Hey, hast du gelogen? Ob wir unter anderem Umständen besser abgeschnitten hätten? Zum Beispiel, wenn ich mir den Schein-Moment Tränk richtig eingesetzt hätte. Hast du dir gesagt, dass jemand hier ein Item für mich hat? Oh, er hat ein Item für mich. Okay. Äh, danke, Schätz. Oh, ich sollte die, ich sollte Heilung wahrscheinlich kaufen. Haha, fährt mir gerade auf. Dann wiederum, normale Tränke bringen an dem Punkt des Spiels schon echt nicht mehr viel. Aber, äh, äh, ach. Das kann nicht schaden, denke ich. Oh, 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 du nennst dich einen Pokémon-Trainer und besitzt keinen Pokége. Die Pokége. Das ist die Pokéwatch. Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armband-Tour. Meine Güte, bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Pokége erfunden und stelle ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist drei, äh, Clowns im Jubel stattzufinden, wenn du sie findest. Nun, kannst du einen Pokége bekommen. Oh, oh, ich habe ihn gefunden. Hallo, ich bin ein Clown der Pokége-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird ein Pokémon durch Kämpfe und durch Erfahrungspunkte stärker? Yeah. Ding, ding, du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einer anderen Form. Das nennt man Entwicklung. Ein Pokége-Coupon. Ich habe nie ganz die Coupon-Schreibweise von hier verstanden. Aber okay. Auch zwei Händler. Was habt ihr alles? Luftbrief, Heilball. Äh. Geldverschwendung. Pokéball. Habe ich an sich noch genug? Ich hätte gerne einen Trank. Vier Stück. Fünf Tränke dabei haben, ist nicht unrealistisch. Gegengift. Zehn Stück. Das sollte erstmal für ein paar Momente reichen. Und zehnmal Paare Heiler, denn das werden wir auch noch brauchen. Ein paar Vorbereitungen treffen, ist nie verkehrt. So, dann suchen wir mal nach mehr Clowns, um an der Pokége-Front weiterzukommen. Sieh was? Das Spiel sieht ganz schick aus mit der Höherin. Ich habe es schon öfter angemerkt, aber... Mir gefällt es, dass ich das alles ein bisschen hochstrilliert habe. Sieht wirklich cool aus irgendwie. Ha, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber hast du nicht Interesse an einer Gruppe? An der Gruppe kannst du dich mit anderen messen und viel Spaß haben. Was meinst du? Willst du eine neue Gruppe oder trittst du dabei, dann sollst du unbedingt den Connex-Club besuchen. Oh, okay. Gruppe ist ein Online-Ding. Die Server sind seit ungefähr fünf Jahren offline. Lass mich in Ruhe. Da ist ein Clown. Gut Tag, ich bin ein Clown der Pokége-Schwerbe-Kampagne. Ich frage dich, kann ein Pokémon ein Item halten? Ja. Ding, ding. Du hast absolut recht. Ein Pokémon kann ein Item halten. Ja, 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 ja. Gruppe Nummer 3. Hast du mich im Fernsehen gesehen? Da habe ich ein Interview gegeben. Äh, ja. Hey da, wo kommst du her? Zwei Blattdorf. Hm, ein schöner Ort. Ruhig und so. Jubelstadt ist sehr groß erlebt. So bestimmt ein Kulturschock. Ich meine, es ist die Stadt nebenan, aber ja. Jubelstadtwohnungen, Mieter gesucht. Ja, eine Großstadt, in der Mieter gesucht werden. Okay, sicher. Das waren andere Zeiten damals. Oh, ihr Lieben, sagt das, äh. Sagt, dass man Pokétschicht absolut umwerfen. Der kommt in einem allerneuen Design. Es wurde gerade erst entwickelt. Ohne Pokétsch wäre man als Trainer doch wirklich verloren. Also muss man aufs Design wirklich achten. Schau ich Pikachu an. Pikapi. Das heißt Ash. Oh, dein Pokémon ist wirklich außerordentlich reizend. Hier, lass es dir diese Flinkklaue halten. Flinkklaue, yes. Oh, ist so gut. Nein, Pikapi hat wirklich was. Es gibt ein paar Dinge, die Pikachu ausspricht, welche eine gewisse Bedeutung haben. Ich glaube, Pikapi bedeutet Ash. Oder Satoshi. Je nachdem, welche Sprache man bevorzugt. Ist schon ein paar Heilbälle im Pokémon-Supermarkt gekauft? Nein, nein, nein. Ich denke auch, dass Heilbälle... Ich meine, sie sind vielleicht vom Nutzen her okay. Wäre sehr teurer als Pokébälle, was ein bisschen dumm ist. Aber sie sehen halt so nicht cool aus, dass ich auf keinen Fall jemals Heilbälle kaufen will. Ich meine, ich habe mir vor, du fängst Pokémon mit einem Heilball und jedes Mal ist dann dieser hässliche, rosa Ball, wenn du es loswirfst. Und das ist nicht schön. Aber ich kann hier oben was fangen. Oh, auf Route 204. Ein, würde ich sagen. Was ist denn ein Hit? Schauen wir mal, was wir bekommen. Oh, ja, ein Zwirlicht. Oh, warte, es entwickelt sich sowas anderem. Aber ein Zwirlicht. Oh, das ist super cool. Das nehmen wir mit. Nicht der Silberblick. Oh, der Schmerz. Gesang. Yeah, die Flinkklaue wirkt. Und der Angriff geht trotzdem daneben. Nachtnebel. Macht nicht allzu viel Schaden. Dankeschön, dass du dich doch dazu entschieden hast, mit dem Gesang zu treffen. Das erleichtert mein Leben ein kleines bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Das wäre ein guter Name für Zwirlicht. Okay, ich glaube, ich habe was. Ich habe was. Also. Es mag das Weinen von Kindern. Das schreckt die beiden Kinder, indem es durch Wende geht. Okay. Man kennt das. Der Name ist ziemlich gut. Und zwar nenne ich es... Ich weiß, worüber ich daran denken muss. Ich habe nach Dingen gesucht, die so ähnlich klingen. Wir nennen es Zvigarello. Der Name ist gesponsert von der Tabak-Lobby. Ich hoffe, er gefällt euch. Der gute Zvigarello. Timerball. Das ist ziemlich gut. Zvigarello schläft gerade. Ist okay. Meine anderen Popo sind so stark. Ich denke, das können wir verkraften. So, wenn wir schon mal hier sind, könnte ich auch direkt noch ein paar Tränen abklappern. Ein schwächlich wirkter Trainer. Willst du mich antreten? Verzeihung. In welcher Hinsicht wirk ich schwächlich? Rich Boy Noel. Roselia. Das ist ein schwächliches Pokémon. Oh, ihr seht, wie ein Zvigarello versucht hat, es zu erschrecken. Gluter. Oh, wisst ihr was? Jetzt finde ich es gerade wirklich schaden, dass ich hier eingestellt habe, dass die Pokémon sich bei der Entwicklung verändern. Oh, wir haben nämlich so cooles Zeug bekommen, aber durch die Entwicklung werden wir noch viel cooleres Zeug bekommen. Das weiß ich einfach. Ich hätte gerne Raupi oder so. Einfach irgendwas, das sich möglichst früh weiterentwickelt. Und das war es. Nein, das war so nicht ganz mit Roselia. Wachstum. Oh, hey. Ein Pflanzpuppe, das die ganze Zeit im Wachstum einsetzt. Das ist ja was komplett Neues für mich. Und 114 Erfahrungspunkte für Zvigarello, was eine große Menge ist. Ich habe das Gefühl, Gluter braucht so viel weniger Erfahrungspunkte als alle anderen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass Zvigarello so viele Erfahrungspunkte bekommen hat, also in Relation zu dem, was es für ein Level abbraucht. Wie Glumander gerade. Ich meine Gluter. Ich werde dich mit dem Körper nur besiegen, das mir mein Papa gab. Oh, du bist der Typ. Du bist also der Typ. Ein Lilip. Ein Lilip ist Pflanze und Gestein. Das heißt, es ist entweder ein Angriff, der sehr effektiv auf Sitzbank ist oder ein, der sehr effektiv auf Glutas. Ich hätte Sitzbank einsetzt und Glutas schon so hoch gelevelt. Egal. Säure. Die Wechselwirkung von Gift und Feuer ist mir auch immer sehr suspekt. Ich habe das Gefühl, dass Gift nicht so effektiv auf Feuer sein sollte, aber ne, ist neutral. Und Lilip hat natürlich für sich eine enorme Spezialverteidigung. Nein, Lilip sollte auch schon eine enorme haben. Lilip hat auf jeden Fall eine gewaltige Spezialverteidigung. Lilip sollte aber auch echt okay dabei sein an der Front. Und Glut. Und es lebt nicht mehr. Sehr schön. 84 Erfahrungspunkte. Level 6 für Zwiegerillo. Aussetzer. Aber sonst kein Level-Up mehr. Oh, Glutasch hat schon fast das nächste Level-Up. Hartes Bob. Glutasch hat so viele Level-Ups. Was ist da oben? Das ist doch ein Trainer. Bin ich überhaupt schon hoch? Ich meine, sprich nichts dagegen, schätze ich. Uh, ähm. Na ja, so ein kritisches Pokémon. Ich meine, ich wollte jetzt nicht schon wieder Glutasch einsetzen, aber... Ich mag übrigens, was dieser Floor für den Ausfallschritt hier gerade macht. Das sieht ziemlich lustig aus. Los, Glutasch. Zeig ihnen, warum man dich so nennt. Zeig ihnen, dass du das überlegene Generation ein Starter-Pokémon bist. Ich meine, das ist kein Wettbewerb an dem Punkt. Dieser Floor ist ziemlich cool, aber... Glut hat die Übermacht. Und... Zwickarello erreicht Level 7. Ja, man sollte Zwickarello noch aufwecken. Dann wäre nochmal Zwickarello überhaupt angriffig. Ich glaube, es kann aktuell nur Tackle. Entschuldige, aber dürfte ich dich um einen Kampf bitten? Nein. Meine Antwort ist nein. Rich Boy Cristiano. Oh, oh. Altaria. Haben wir was cooles dagegen? Wir können einen Achtnebel versuchen. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, zum Glück ist er Stauner. Warum kannst du euch kein erstauner Zwickarello? Nicht, dass ich den Angriff einsetzen will, aber... Das ist eigentlich ein typischer Angriff von einem Geist-Pokémon auf niedrigen Level. Generell von allen Pokeln auf niedrigen Level. Ich denke, wir fangen mit Konfu-Strahl an. Warum bist du schneller als ich? Ach ja, weil du ein Flugpopon bist und der Lapras. Es heißt Sitzbank. Das spricht nicht unbedingt für Geschwindigkeit. Ich meine, ich hätte jetzt auch einfach wieder Gluter reinschicken können und Kratzer einsetzen, aber komm schon. Wir müssen auch mal wieder andere Pokémon trainieren. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Verletzt sich selbst. Oh, diese Saltaria ist mächtig. Es weiß, was es tut. Oh, Volltreffer. Und da ist die Flinkklaue wieder am Einsatz. Die Flinkklaue hat sich schon jetzt bezahlt gemacht. Ich mag es übrigens, dass in dem Spiel tatsächlich angezeigt wird, wenn die Flinkklaue mal was gemacht hat. Sonst ist es immer ein bisschen, äh, mich immer ein bisschen verwirrt, ob die Flinkklaue überhaupt jemals was bringt oder nicht. Ach, komm schon. Da verwirrt man einmal den Gegner und es passiert einfach nichts. Aber wiehe ich bin einmal verwirrt, dann werde ich mich einfach 20 Mal nacheinander vor Verwirrung selbst verletzen. Flinkklaue, um zu schlafen. Okay. Okay, das ist mir jetzt zu blöd. Ich schicke jetzt Looter raus. Ich sehe gerade jetzt schlafen alle meine Pokémon. Vielleicht sollte ich dann noch kurz ins Pokémon Center. Erstauner. Erstaunlich wenig Schaden. Ich meine, ich dachte, dass es so wenig Schaden machen wird. Das war eigentlich wirklich erstaunlich. Und der Kratzer macht ehrlich gesagt auch erstaunlich wenig Schaden. Und meine KP sind gerade niedriger, als ich mir wünschen würde. Aber ich bin auch ganz kurz davor zu gewinnen. Kratzer. Puh, okay. Das war jetzt so gut. Zwickarillo erreicht Level 8. Looter erreicht nicht Level 12. Sitzbank erreicht Level 9. Rich Boy Cristiano. Das war kritischer, als ich mir wünschen würde. Nicht schon wieder. Oh. So ein Vesperid. Was auch immer. Könnte ich dich bekämpfen, theoretisch? Mach doch bitte auf, Zwickarillo. Sitz Erholung ein. Kannst du was anderes als Erholung? Erholung. Das Lied ist übrigens ein Hit. Dann machen wir Aussetzer. Was willst du jetzt machen? Oh. Ein tatsächlichen Angriff. Die Runde geht an dich. Nein, warte geht es nicht. Ich werde diesen Kampf gewinnen. Okay, auf Konfusion einzusetzen. Sie macht zwar nur 3 KP Schaden, aber das macht mir ein bisschen Angst. Der Zwickarillusche Nachtnebel hat sich bezahlt gemacht. Wie viele Fondspunkte sind? 120 reicht nicht für Level ab. Naja, Nachtnebel scheint aktuell ziemlich okay zu sein soweit. Dann wiederum ist auch nur Level 4 Pokémon. So, erstmals das Pokémon Center. Danach werde ich, glaube ich, ja, weiss ich mir so, danach den anderen Clown an. Dann schauen wir noch kurz hoch zur Höhe. Dann sind wir erstmal fertig für heute. Was, was halte ich dir davon? Nimm meine Pokémon in deinen Obhut. Danke, Pokémon sind wir topfit. Komm bald wieder. Vielleicht komm ich bald wieder. Wer will mich daran hindern? So, ähm, wo ist der letzte Clown? Würde ich mich verstecken, wenn ich... Hier wahrscheinlich. Was ist das für ein Gebäude? Poké-Gesellschaft. Poké-Che für die Welt. Ah ja. Hallo, ich bin ein Clown der Poké-Schwerbe-Kampagne. Und hier ist meine Frage. Pokémon haben Typ- bzw. Elementklassen. Gilt das auch für Attacken? Ja. Ding, ding, du hast absolut recht. Ja, 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 ich weiß. Okay, dann, ähm, gehen wir zum Typen. Und holen uns unseren Poké-Ch. Poké-Ch, Mann. Dann lass mich mal deinen Koupons zählen. Ich verwende dafür den Poké-Ch hier. Eins, zwei, drei. Bravo. Dann kann ich nur applaudieren. Für dieses Koupons gebe ich dir, nun, jawohl, den Poké-Ch. Yes, da ist die Uhr. Du kannst deinen Poké-Ch aufrüsten, äh, aufrüsten, wodurch er immer vielfältiger an seinen Möglichkeiten wird. Berühre den Bildschirm des Poké-Ch und probiere ihn mal aus. Wollen wir die Uhr leuchten lassen? Die ist übrigens, äh, richtig. Moment. Yeah. Yeah, sie leuchtet. Ich habe gerade irgendein Textdokument geöffnet auf dem anderen Monitor. Das war ein bisschen seltsam. Was haben wir sonst? Okay, das funktioniert nicht richtig. Das ist, äh, uncool. Das ist ziemlich cool. Seht ihr, ich bräuchte gar keinen Rahmen hierfür. Das ist der Schrittzähler. Hier ist ein Taschenrechner. Aus irgendwelchen Gründen. Äh. Ich würde sagen, aktuell gefällt mir der Schrittzähler am besten. Versucht die Schritte doch zu Hause mitzuzählen. Und sehen, ob ihr zum, und schaut, ob ihr zum gleichen Ergebnis kommt, wie der nicht falsch liegende, äh, Schrittzähler. Es ist nicht ironisch, dass es in dem Spiel einen Schrittzähler gibt und der hat geholt, äh, das Spiel, was danach kam, gab es einen wirklichen Schrittzähler. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Ja. Vielen Dank, lass uns am besten keine Zeit verlieren. Da fragen wir mich, Poké-Zubehör nur am häufigsten nutzt. Schrittzähler, ich verstehe. Was ist jetzt für Zubehör Schrittzähler? Okay. Suchen wir was. Connex. Äh, was halte ich davon? Voice-Chat. Nein. Lifestyle. Bad. Besichtigung. Brief. Blumen. Computer. Digitales. Fahrrad. Hm. Ich halte davon, Gourmet. Das ist mein Lifestyle. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in einer Sendung ausgestrahlt. Schalt doch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Hey, siehst du gern? Ferndirektiv Poké-Zubehör ist eine tolle Show. Je öfter ich die Show sehe, desto mehr will ich ein Poké-Zubehör einsetzen. Yeah, so geht's mir auch. Oh, ich werde weiter Zubehör für den Poké-Zubehör entwickeln. Daraus kann auf, kann zu wetten. Genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mein Poké-Zubehör weiter. Hallo, hi, ich bin der Präsident, ich kenne dich. Ich fick gerade ein neues Zubehör für den Poké-Zubehör, aber es ist noch nicht fertig. Ich denke, sobald du einen ersten Ordner hast, bin ich fertig damit. Sehr spezifisches Zeitfenster. Er versucht bei der Entwicklung von Zubehör wie ein Trainer zu denken. Naja. So wie ein Politiker versucht, wie ein normaler Bürger zu denken, aber er dabei scheitert. Pokémon, ey, Chronometer. Das ist der volle Name des Poké-Zubehör. Das ist doch ein bisschen lang. Und was bedeutet nochmal das Wort Pokémon? Egal, ich bin Vater, das Präsident der Poké-Zubehör-Gesellschaft. Oh ja, du bist, äh, ich bin der Jüngste. Man kennt das, wenn man seinen Vater, äh, wenn man in seiner Firma im ersten Stockwerk, äh, ein Zimmer für seinen dementen Vater einrichtet, damit er da rumhängt. Mein Mann ist der Präsident der Firma. Wir haben in der Garage angefangen, nur produzieren wir in großen Mengen. Wir fertigen etwas, das die Welt glücklich macht. Stell dir das mal vor. Yeah. Du hast einen Poké-Zubehör? Es gibt ein Modell für Mädchen und ein, zwei Jungen. Sie haben unterschiedliche Farben. Ah ja. Überall auf der Welt denken auch, äh, denken sich die Leute als Zubehör für den Poké-Zubehör aus. Du wirst erstaunt sein, von, äh, wo und von wem du Zubehör bekommst. Auf den PCs hier findest du Informationen zu den verschiedenen Teilen. Klingt ein bisschen so, als wären das Apps oder so. Und ich hab übrigens den Poké-Zubehör für die längste Zeit immer Poké-Tag genannt. Aber es ist natürlich, äh, es ist natürlich die Uhr. Ich denke immer noch, dass Poké-Tag cooler klingt, aber, äh, es ist, was es ist. Wenn ich weiß, wie es richtig heißt, kann ich nicht einfach, äh, trotzdem die ganze Zeit den falschen Namen wählen, versteht ihr? So, ich war im Pokémon Center, richtig? Richtig. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier in die Höhle reingehen kann, aber vielleicht können wir da einen Pokémon fangen. Wenn er in der Höhle wird der Weg durch den Felsen blockiert. Ein Pokémon müsste aber in der Lage sein, Hindernis aus dem Weg zu räumen. Lass mich besser mal einen Blick drauf werfen. Ich bin ziemlich stark, musst du wissen. Aha, hier liegt was. Ein Top-Ether. Ja, ist okay. Hier braucht man also Zertrümmerer. Wir können aber auch direkt noch einen Pokémon fangen. Mmh, Pandya. Mmh. Ha. Ähm. Pandya ist jetzt kein Hit. Muss ich ehrlich sagen. Es kann, glaube ich, nicht mal gute Angriffe lernen. Und es hat auch keine Weiterentwicklung. Das heißt, wir können auch nicht wirklich was damit anfangen. Ja, ich denke, Pandya werden wir... Oh, es kann nicht schlafen, weil es Aufruhr einsetzt. Ja, das ist die Sache. Äh, ich denke, Pandya werde ich einfach mal, ähm... Ich werde es mal einwechseln, wenn ich eine Runde Zeit brauche. Und ich einfach irgendwas, äh... Ich nenne es, äh... Sagen wir es, wie es ist, es wird Kanonenfutter. Manchmal ist es wichtig, dass sich jemand fürs Team opfert. Und ich kann mir niemanden vorstellen, der besser für diesen Job geeignet wäre als Pandya. Ein Pokémon, welches im besten Zustand sehr verwirrt vor sich hin taumelt und sich selbst verletzt. Ha, ha, ha. Für Pandya wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das Muster eines Pandya ist wie ein Fingerabdrucks. Ein Taumeln senkt die gegnerische Zielsicherheit. Der Punktpanda. Ähm... Da es Kanonenfutter sein soll, werde ich jetzt nach, äh... Charakter-NPCs aus dem klassischen, äh... RPG benennen. Nämlich den Kanonis aus Secret of Mana. Die sind so süß, da habe ich gleich alle zwölf geheiratet. Ja, wie sowas sagt eine Frau. Ja, man, wäre ich Secret of Mana bestimmt durchspielen. Vielleicht würde ich mir das Remake. Vielleicht aber auch nicht. Weiß nicht. Ich meinte, Gedanke daran, das Spiel zu spielen. Oh, Zirpeiser. Ich meinte, Gedanke daran, äh... Secret of Mana zu spielen. Nein, ich weiß nicht, ob ich das Spiel selber so sehr mag. Ich habe so oft angefangen und nie allzu weit gespielt. Oh, Geduld. Das könnte... Ich glaube, Geduld war in der Generation noch ziemlich unnütz. Ist das ein Dritte? Ich sage, das ist ein Dritte. Das Problem ist, wenn, äh, Geduld, ähm... Etwas, äh, nicht... Äh, etwas schneller ist, als ich gerade denke. Und das war unser Zvigarillo. Ah. Ungünstig. Ähm. Wir haben auf jeden Fall eine Menge über Geduld gelernt. Und zwar habe ich über Geduld gelernt, dass dieser Angriff in Generation 4 nicht komplett... Oh, warte. Habe ich hier Einstellung gemacht, dass Angriffe abgeletet werden? Nein, ich glaube nicht. Aber ja, wie es aussieht, ist, ähm... Geduld in Generation 4 nicht so unnütz, wie ich das dachte. Das war wohl mehr in Generation 3-Ding, dass der Angriff einfach nur ein Selbstmordkommando war. Ups. Ich meine natürlich Schluchz, nicht Zvigarillo. Ich habe so viel mit ihm erlebt. So viel Abenteuer. Oh nein. Äh, dann würde ich sagen... Es ist dann jetzt Zeit, den Friedhof einzurichten. Äh, Name. Den würde ich gerne ändern. Zu... Ich weiß, wozu ich den Namen ändern werde. Friedhof. Ah, was haben wir alles an Motiven? Ich meine, die Mauer ist an sich okay. Himmel. Ja, der der Himmel. Der Himmel ist auch immer sehr angemessen. Zvigarillo. Aber ist ein guter Freund. Ich dachte, der Name war für kurze Zeit sehr lustig. Du hattest ein sehr mildes Wesen. Eine Schwebe von einem Pokémon. Keine Item. Und, äh... Ich meine... Kann Zvigarillo überhaupt sterben? Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns vielleicht im nächsten Leben wieder. Aber es ist schon Geist-Pokémon. Es ist überhaupt was passiert mit Zvigarillo. Er legt es jetzt einfach auf PC rum und denkt sich, ja gut. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm. Werden unsere Pokémon. Dann würde ich sagen, ich speichere ab. Was übrigens beim ersten Mal speichern in diesem Spiel eine halbe Minute oder so dauert. Es ist absurd, wie lange es dauert. Jetzt sollte es ja länger, äh, nicht mehr so lange dauern, oder? Und dann sind wir erst mal soweit fertig für heute. Und wie das Ganze weitergeht... Sehen wir... Dann... Ähm... Meiser Neisland Platin. Äh... Ohne dass was schiefgegangen ist. Und ich denke, gegen Hippoteros werde ich auf jeden Fall, äh, zur guten alten Sitzbank wechseln. Das passiert manchmal, okay? Wir alle machen manchmal Fehler. Manche mehr als andere. Und manche weniger. Aber die meisten machen mehr. Versteht ihr? Und das war einer davon. Äh... Aquaknarre. Ich denke, die Aquaknarre sollte direkt sehr souveräne Arbeit gegen Hippoteros leisten. Hippoteros war übrigens damals, als Generation 4 neu war, war das eins meiner Lieblings-Pokémon davon. Vor allem die weibliche Variante. Ist von der Farbgebung her super cool. Mein... Weiß ich, ob ich heutzutage Hippoteros noch so cool finde. Aber ich denke, es ist immer noch relativ cool. Ich dachte mir, das solltet ihr wissen. Oh, der Gähner. Hm... Der ist ein bisschen... Schwierig. Ich will auch meinen Pokémon jetzt nicht unbedingt wechseln. Ehrlich gesagt, deswegen... Yes. Aquaknarre. Mal schauen, was der gute Jochen als nächstes einsetzen wird. Oh, Level 12 für Gluta. Denn Glutas Level-Up technisch absolut nicht aufzuhalten. Nicht mal ansatzweise. Gluta nimmt einfach so viele Level-Ups. Egal, was ich mache. Okay. Als nächstes haben wir ein Jurob. Hm... Ah, ich denke, ich werde bei Sitzbank bleiben soweit. Ehrlich gesagt. Wir hoffen einfach, dass Sitzbank in der abzuhörer Zeit aufstehen wird. Natürlich könnte man jetzt sagen... Hey, hast du nicht... Warte, habe ich einen Aufwecker gekauft? Nein, ich glaube, ich habe nur Gegengift und Paraheiler gekauft. Ich habe gar keinen Aufwecker. Dementsprechend müssen wir die Frage, dass... Äh... Die Aussage, dass ich auch einfach das verwenden kann. Die können wir uns dem Punkt direkt sparen. Mein Plan für den Kampf ist übrigens zuerst, Confustral einzusetzen. Und dann, ähm... Den Scheinwerfer. Und dann werden wir sehen, wie viel Schaden wir Jurob machen. Ich befürchte aber, dass Scheinwerfer nicht allzu viel Schaden machen wird. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ich mit der Verwirrung noch ein bisschen Zusatzdamage rausholen kann. Denn dann würde ich mich ein bisschen freuen. Dann muss ich ehrlich sein an der Stelle. Jurob ist verwirrt. Das will ich auch hoffen. Heuler. Zum Heulen. Sein Sturm tobt. Und... Wir nehmen beide Schaden. Das ist ein sehr langwieriger Kampf, bisher. Ich entschuldige mich dafür. Aber glaub mir, es wird besser. Hm... Und es ist nicht mehr verwirrt. Ah ja, woher ich die... Ah ja... Hm... Ich denke, es ist eine Zeit für Kanoni seinem, äh... Zweck nachzugehen. Los, Kanoni! Wenn ich jetzt einen Weißnebel gehabt hätte, wäre es nicht passiert. Ich meine, heute ist mir relativ egal. Das, was mich gestört hat, war, ähm... Der Sandwirbel. Und jetzt wechsle ich jetzt wieder zurück zur Sitzbank. Und dann sollten wir auch wieder im Spiel sein. Äh... Sitzbank. Los, Sitzbank. Das ist kein guter Spitzname. Ich bin bereit, das zuzugeben. Das Protokoll. Kann Jurob eigentlich auch noch was anderes als Heuler? Müsste es nicht auch Kopfnuss können? Aber irgendwie... Macht das nichts anderes? Es wird langsam ein bisschen alt, muss ich gestehen. Konfu-Strahl! So, der trifft auf jeden Fall. Denn meine Genauigkeit wurde diesmal nicht gesenkt. Was schon mal sehr angenehm ist. Jurob ist verwehrt. Jurob, yes! Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Das will ich sehen. Und jetzt kommt der Sandsturm. Und der Scheinwerfer. Welcher immer noch nur 5 AP hat, was ein bisschen wenig ist, aber... Ansonsten leistet der Scheinwerfer akzeptable Arbeit. Uh, Spezialverteidigung sinkt. Oh, das ist ein Todesurteil. Und es macht immer noch Heuler. Ich habe das Gefühl, Jurob ist irgendwie... Jochen hat sein Jurob irgendwie kaputt gemacht. Es tut mir leid, dass ihr es auf die Art erfahren müsst, aber es ist, wie es ist. Mein Pokémon gehen die KP aus. Das könnte eng werden. Das könnte es. Ich würde fast sagen, du hast genau jetzt verloren, mein guter Jochen. Und das war Jurob. 96 Erfahrungspunkte. Level 10 für Sitzbank. Eissplitter. Hm. Das war, glaube ich, Ersttreffer-Garantie? Gegner mit der Eisklumbewurf. Diese Attacke hat Erstschlag-Garantie. Ja. Hm. Macht 40 Schaden. Aquaknarre macht 40. Echt, ich packe Sagen weg. Das war wahrscheinlich dumm, weil wir da mit Pokémon fangen müssen, aber... Ich hätte gerne ein weiteres Typing-Coverage, was, glaube ich, ganz gut wäre. Lazy Jochen. Das gefällt mir immer noch. Ah, ich habe verloren. Wie meinst du das? Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Als erstes, ich bin der Rehleiter in Erzelingen vor. Okay. Dann werden wir demnächst nach Erzelingen gehen. Aber ja, das war an sich nicht optimal gerade. Mittwoch war es gut, dass ich Gesang verlernte. Ich meine... Im Kampf bringt ja mir nicht so viel, weil... Gesang ist an sich cool, aber... Ich hätte gerne Paralyse und Verwirrung gleichzeitig. Das wäre ziemlich cool. Aber so bin ich, glaube ich, wenn ich einfach nur einen Konfusstra einsetze. Besser dran, als wenn ich noch auf Gesang hoffe, welcher einfach so oft daneben geht. Er wäre nur fürs Pokémon-Fangen wirklich gut gewesen, aber... Zu spät. Dann kann ich jetzt auch nicht mehr viel ändern. Route 203. Was haben wir denn hier? Ein Ratzfratz? Es fange ich. Es werde ich trainieren. Sobald es in der Lage ist, den Kratzer zu überleben. Wenn du den Kratzer nicht überlebst, bist du es nicht wert, von mir gefangen zu werden. Was? Gluta! Du Biest! Gluta ist einfach zu stark! Wenn Gluta Blut gewittert hat, kann man einfach nichts machen. Ich hätte Radflatzer einfach so fangen sollen, aber es hätte den Kratzer unter normalen Umständen easy überlebt, okay? Der Lahn meiner Pokémon überträgt sich auf mich. Zipurze, Zubat! Los, Zipurze und Zubat! Ah, ja. Er ist ein Team. Oh. Arctos. Hm. Okay, äh, gegen Arctos wäre an sich, wisst ihr was? Ich wollte das mit Sitzbank machen, aber Gluta ist halt schon eine unverschämt gute Wahl im Kampf gegen einen Eistypen. Pulverschnee. Du müsst die Initiative senken, aber es sollte in dem Fall nicht allzu viel Unterschied machen. Oh, das senkt nicht die Initiative. Das wird mein Leben noch weiter erleichtern. Arctos ist so ein cooles Design. Scheint also an sich nicht unbedingt das beste Pokémon ist, aber designtechnisch. Gott! Vor allem, wenn ich an die Arctos-Karte aus Fossil nachdenke. Fossil, äh, war das was? Ich glaube, es war das zweite Pokémon-Boost-Effekt, das rauskam. Da gab es eine Arctos-Karte und die hat ein sehr gutes Design. Beziehungsweise generell wahrscheinlich relativ minimalistisch, aber es ist nostalgisches Design, versteht ihr? Enteron! Ich kann euch versprechen, dass das ein Pokémon ist, gegen das Gluta nicht der optimale Kämpfer ist. Enteron ist natürlich, wenn ich an das Artwork von Enteron aus dem Team Rocket-Set denke. Das war doch eine coole Karte. Das war der, der hat es aus seinem Strahl, äh, einfach so einen gigantischen roten Strahl auf dem Meer abgefeuert. Das sieht super cool aus. Keine Ahnung, ich glaube, es war ein Hyperstrahl oder war es ein Psy-Strahl? Ist auf jeden Fall so ein riesiger Laser. Sehr dramatisch, wenn ihr mich fragt. Vielleicht sollte ich irgendwann mal ein Video über Pokémon-Artworks machen. Ja, hab ich das letzte Kommentar gelesen. Ja, es wäre langweilig, aber es tut man nachdenken. Vielleicht, vielleicht kann man da irgendwas damit machen. Irgendwas Cooles. Irgendwann vielleicht. Na, wahrscheinlich nicht. Okay. Und ich würde fast sagen, das war soweit Enteron. Sehr Spezialverteilung ist gesunken. Es wird unter keinen Umständen weiterleben können. Und diese Runde geht erneut an mich. Ich glaube, ich kann doch schnell ins Pokémon-Center gehen, bevor wir weitergehen. Natürlich bekommt Gluta ein Level-Up. Autsch, meine Pokémon! Gluta bekommt nur Level-Ups. Ja, ich gehe schnell ins Pokémon-Center. Ein bisschen muss ich mir gerade auf. Welcher Schrittzähler ist eigentlich echt nützlich, um Pokémon auszubrüten, weil man ungefähr mitzählen kann, wie viele Schritte man schon gegangen ist und sowas. Warum haben sie das eigentlich abgeschafft, den Schrittzähler? War wirklich gut. Giftschleim ist Überreste für ein Pokémon vom Typ Gift. Für ein Pokémon, das nicht vom Typ Gift ist, sollte es bewirken, dass das Pokémon direkt vergiftet wird. Und das ist nicht unbedingt meine Absicht. Ein Macholo. Los, Sitzbank! Das bekommen wir besiegt! Auch wenn es natürlich sehr effizient gegen uns ist, aber Eissplitter! Nö, ich würde gerade sagen, das ist eine coole Animation, aber dann sind die Eissplitter einfach super langsam über das Bild geflüchtet. Ich dachte mir, ja, ist nicht so cool. Auch Fußgick ist nicht gut. Fußgick ist überhaupt nicht gut. Er macht extra Schaden gegen schwere Pokémon. Das wäre generell gerade sehr kritisch. als ich mir das wünschen würde. Jetzt noch einen Trank ein. Ich fände mich gerade auf, dass es keinen Grund dafür gibt, der hier zu sparen. Denn wenn ich zu viel spare, wird es auch hinauslaufen, dass mein Pokémon schlicht und ergreifend stirbt. Und das will doch wohl nun niemand. Bevor ich den Leiter der Pokémon-Arener herausfordere, werde ich meine Fähigkeiten an dir testen. Dann zeig mal, was deine Fähigkeiten so sind. Ein Mantirps. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht bist du noch nicht bereit für die Arena. Ist Mantirps schon vom Typ Flug? Oder ist es nur Wasser? Wie es aussieht, ist Mantirps auch schon Wasser und Flug. Sehr schön. Das erleichtert mein Leben. Seht ihr, diesen Eisangriff zu lernen, es hat sich schon jetzt so sehr gelohnt. Ich meine, gegen Macholo war ja nicht wirklich nötig, aber dann wiederum. Vielleicht wäre Macholo sonst schneller gewesen. Das will man ja niemandem wünschen. Und so haben wir Mantirps besiegt. Das ist die Babyform, die... Ich meine, so was Problemen. Ich habe nichts... Oh, Antoinette. Ähm... Ich habe nicht wirklich was gegen die Babyformen. An sich... Nicht, dass sie... Nur denke ich immer, dass sie Verschwendung sind, weil... Ich meine, sie sind designtechnisch nett und sowas, aber im Endeffekt ist halt immer... Hey, willst du nicht noch... Hättest du jetzt nicht noch echt gerne eine schwächere Version von deinem Pokémon? Nein, ich hätte gerne ein Mantax, das stark ist. Und kein Mantax, das schwächer ist. Das ist nicht ganz das, was ich immer wünsche. Sei es, ich weiß nicht. Bin ich begeistert. Oh, das ist ein mächtiges Pokémon. Und er gibt sogar... Er gibt auch die Stopp-Geste. Vorsicht, mit wem du dich hier anlegst. Das ist übrigens Zeit für Gluta. Marumai ist nur auf Level 4, aber ich weiß nicht, was es für Angepfe hat. Und ich weiß nicht, wie... Okay, es ist ein Überblick. Ich weiß nicht, wie stark das Generell sein kann. Da will ich also lieber ein bisschen Vorsicht walten lassen. Glut! Solltest du nicht überleben. Was? Du hast Glut von einem Level 13 Gluta überlebt. Mein Gott, diese Marumai ist ein Biest. Es wirkt fast, dass er auf dieses Pokémon bereits seine letzte Entwicklungsstufe erreicht hätte. Verrückt. Es sind immer noch so viele Formspunkte. Keck, Leon! Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt wieder gerne zum Sitzband drüber wechseln, damit Sitzband noch ein paar Levels mitnehmen kann. Gluta alleine zu leveln ist zwar verlockend, aber es bringt uns nicht allzu viel. Wisst ihr, was aber interessant wird? Die Movesets meiner Pokémon, wenn sie sich weiterentwickeln. Ich meine, ich weiß nicht, zu was... Wir fangen mit Eisplitter an. Ich weiß nicht, zu was jetzt wirklich Gluta wird, logischerweise. Aber es wird sich in die Glut und sowas beibehalten können. Das heißt, unter Umständen können wir da dann ein relativ interessantes Moveset rausholen für gewisse Pokémon. Da freue ich mich ja ein bisschen drauf. Nicht zu sehr, aber ein bisschen. Einlassknäht. Ich fürchte, damit werde ich fertig. Aquaknähter. Und das war das Gnade. So, 91 Erfahrungspunkte. Das reicht immer noch nicht für ein Level ab. Ein Smetbo? Das hätte ich gebraucht, beziehungsweise einen Saftkonon oder so. Eissplitter. Ah, Smetbo ist vom Typ Käfer und Flu. Sache, die ich immer gerne durcheinander bringe, aber inzwischen besser bin mir zu merken, ist die Tatsache, dass Käfer in der Tat keine Eisschwäche hat. Eis ist sehr effektiv auf Pflanze und nicht auf Käfer. Auf Käfer ist es neutral. Rich Boy Noel. Oh, schon fertig. Jetzt Problem damit. Hallo, willst du auch noch kämpfen? Okay. Heute will einfach jeder gegen mich kämpfen. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzelingen Arena. Als ob du den Leiter der Erzelingen Arena besiegt hast, ist bestimmt irgendwelche dummen Level 4 Radfratz oder sowas. Und Lampi, der hat Boden... Oh, Lampi, ich ziehe alles zurück. Das ist ein ernstzunehmender Gegner. Vielleicht wirklich, vielleicht hat das Elektroangriffe, die ein Problem werden können, aber ich bin bereit, mein Glück herauszufordern. Hauptsächlich, weil Lapras eine echt hohe Spezialverteidigung hatte und ich mir einfach mal nicht allzu viele Sorgen um Lampi mache, ehrlich gesagt. Und es verletzt sich selbst. Nein, Donnerwelle. Oh, Donnerwelle. Das ist ein nerviger Angriff. Fällt gerade auf, dass sowohl Sitzbank als auch Gluta relativ unvortraglich gehe ich dafür Lampi wären. Oh, was? Oh, das ist nicht in Ordnung. Okay, ähm... Ich fürchte, ich werde Gluta rausschicken, denn meine Güte. Mein Leben ist zu kurz für was auch immer das gerade hätte. Werden sollen. Du machst zwei Mal nacheinander Superschall. Okay. Äh, Kratzer. Akzeptabel. Verletzt sich selbst, verletzt sich selbst. Gut! Verwirrung funktioniert einfach nie auf dem Gegner. Es ist frustrierend. Ich weiß an dem Punkt nicht mal, ob es wirklich nur Einbildung ist oder ob es wirklich einfach echt schlecht gegen Gegner funktioniert. Ich wünsche mir, dass es Einbildung ist, aber ab irgendeinem Punkt bin ich mir echt nicht mir sicher diesbezüglich. Aber das, ähm... Ich dachte kurz, das könnte gefährlich werden, aber es war einfach nur echt schwach. Gluta bekommt aber kein Level ab. Rich Boy Wellington. Oh, ich hab verloren, lalala. Ganz natürliches Verhalten. Mini-Pilz. Der müsste was zum Verkaufen sein, wenn wir nicht alles täuschen. Soll wir schon dabei sind. Ich hab keine Lust zum Popcorn Center zu gehen. Deswegen gönnen wir uns doch einfach mal zwei der Paraheiler, die ich so mühselig gekauft hab. Die hab ich nicht umsonst gekauft. Und hier haben wir Machtkette. Was ist das? Machtkette erhöht, glaub ich, die Angriffs-EVs, die man bekommt. Ist ich das richtig? Ein Item zum Tragen erhöht bei Levelaufstieg die Initiative wert. Senkt aber die Initiative allgemein. Okay. Dann bekommt man mehr Initiative-EVs. Hm, für jemanden vielleicht, aber ich weiß nicht. Ob das für ein Casual Playthrough wirklich nützlich ist. Ich würde einfach mal fast sagen, nein, das ist es nicht. Ah, das Biber killen wir mit dem Scheinwerfer. Denn ein Käfer- und Gifttyp ist nicht gut, auf einem Psycho-Angriff zu sprechen. Absolut erbärmlich. Die verfahrungsmütige Biber, 90. Das ist okay. Dafür, dass es ein wildes Popcorn auf Level 4 war, ist das sogar sehr okay, ehrlich gesagt. Okay. Dann gehen wir in den... ...Berg. Erzelingen-Teut. Das ist definitiv neu. Oh, ein Nägelnagel neuer Poker- und ein eher ungelenk wirkender Reisendach. Hm, du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Das ist nicht schlimm. Du schießt dich ein Freund der Pokémon. Und daher verschenke ich dir diese versteckte Maschine. Ah ja, die VLM06. Das ist der Trümmerer. Wisst ihr, was gerade ganz gut ist? Ich glaube, wir haben ein Pokémon im Team, das sich gerade zu... ...sich sehr darauf freut, der Trümmerer zu lernen. Habe ich recht? Kanoni? Wie sieht's aus, Kanoni? Wirst du gerne mal was zertrümmern? Wäre sich echt cool. Ja, das wäre... ...das wäre ziemlich cool. Du hast recht. Äh, ich könnte ja nach oben gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier überall hin kann. Oh, ein Trashy! Oh, das nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Ich kann einfach ein Pokerball werfen. Das sind Zickzacks. Das wird sowieso drinbleiben. Ich hoffe, das hat Mitnahme als Fähigkeit. Mitnahme war natürlich Absmarag und Mitnahme deutlich genervt, aber... ...das war zumindest cool. Ich überlege, ob ich... Ich glaube, ich werde Zickzacks sogar trainieren, ehrlich gesagt. Ich sollte relativ früh Kopfnuss lernen und sich... ...man wirkelt sich Zickzacks weiter. Dann wäre er ein 20 oder so. Das wäre halt echt okay. Oder würde ich es für VMS beibehalten? Schwer zu sagen. Ein Klein-Dachs. Es läuft im Zickzack. Es hat das Talent, Items im Gras, aber auch im Boden zu finden. Das ist ja ein bezauberndes Talent. Der gute alte Trashy. Das ist ein klassisches Pokémon, falls ihr euch wundert. Trashy! Hat Trashy zufälligerweise schon was gefunden? Zufälligerweise nicht. Ich will Trashy aber noch nicht jetzt trainieren, weil ich nicht weiß, wie viel noch uns bevorstehe, bevor wir zum Pokémon Center kommen. Aber ich brauche erst den Ohr, damit ich Zertrümmerer einsetzen kann. Ah, okay. Und wirklich musste ich den Felsen nur ungefähr fünfmal einklicken, bis ich das realisiert habe. Ich habe ihn so oft eingeklickt, okay. Ein Myrapla. Das ist okay. Das kann zwar Absorber, aber Myraplas Spezialangriff ist denkbar schlecht. Und Spezialverteidigung von der Sitzbank ist denkbar gut. Das heißt, ich mache mir ehrlich gesagt gar nicht mal so viele Sorgen. Sofern es den Eissplitter überlebt. Was es nicht tut. So weit, so gut. So weit, so gut. 117 Erfahrungspunkte. Und ein Seemobs. Schau dir hören, wie es klatscht. Weiß nicht, wie es mit deiner Verteidigung aussieht. Das heißt, wir machen einfach mal Konfustrahlen. Wenn du dir selbst ein bisschen Schaden zufügst, hätte ich absolut nichts gegen einzuwenden. Das setzt Teule ein. Okay. Das Gefühl, die Pokémon generell in dieser Challenge setzen aktuell oder generell insgesamt viel zu häufig Teule ein. Ich meine, wir haben es verstanden. Ihr seid nicht ganz zufrieden mit der Situation, aber kommt schon. Das ist echt kein guter Angriff. Scheinwerfer macht sich bisher auch wirklich nur. Ich bin so froh, dass er sehr zwang den lernen konnte. Zuerst dachte ich, ja, so hilfreich wird er vielleicht nicht sein, aber ich sag falsch. Breed up Mike. Oh, zu schlecht trainiert. Nein, sieht ganz danach raus. Um zu feiern, dass ich diese Hülle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Yes, kämpfen. Das ist die einzige Sprache, die ich verstehe. Skorgro. Oh, das ist ein Pokémon, das nicht gut auf meinen Eisangriff zu sprechen sein wird. Eissplitter. Ein Boden- und Flugtyp. Skorgro ist an sich auch wirklich cool. Wir bräuchten mehr Weiterentwicklungen wie Skorgro und weniger Vorformen wie Mantirps oder Klingplim. Ich glaube, Klingplim ist die dümmste Babyform. Aber wisst ihr, was auch ein dummes Pokémon ist? Andere Weiterentwicklungen von Generation 1 Pokémon aus der Generation 4. Ich meine, Tanguylos ist okay, aber Schlup, Leck? Komm schon, Schlup hat Besseres verdient als das. Und ich schätze, man kann nicht immer alles richtig machen. Hast du eine Menge Erfahrungspunkte? Ghostwriter Max. Ich denke, ich kann wohl irgendwas mit einer Niederlage. Oh, und wir sind in Erze-Lingern. Hallo? Sie waren ein Trainer, aber wie? Wie geht das denn? Du hast ja keinen einzigen Arena-Ord. Dagegen müssen wir sofort den Schutzunternehmen. Weißt du was? Ich bringe dich zur Pokémon-Arena. Steht ja schon jemand und wartet. Ich denke nicht, dass die auch nie dagegen mich kämpfen wird, aber ich will erst mal zum Shop und dann schauen wir ins Pokémon-Center und dann sehen wir weiter, wie wir voranschreiten. 15 Poké-Bälle sollten immer ganz ausreichend sein. Den Rest kann ich mir nicht sparen, weil es ziemlich fürchterlich aussieht. Was verkauft ihr hier für Bälle? Netzball. Mächtig. Teuer, aber absolut mächtig. Den Netzball müssen wir mitnehmen. Da gibt es nicht mal irgendwelche Zweifel daran. Es wurde gerade dunkel. Es ist schließlich auch 17 Uhr geworden. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Sie sorgen für Frischluft im Untergrund. Hm. Der Untergrund also. Du hör mal, hast du deinen Pokémon namens Makago? Wenn wir mein Kargo irgendwann finden, dann können wir hier einen Logia abholen. Ich glaube, hier in dem Gebäude wäre ich wahrscheinlich nur das eine Pokémon mit Tausche halten können. Dann schauen wir mal nach oben. Jedes Pokémon besitzt eine spezielle Fähigkeit, die es einsetzen kann. Ach so. Am meisten mache ich die Fähigkeit mitnehmen mit meines Patschiris. Und mein Liebling erhebt eine Menge Sachen auf, ohne dass es mir auffällt. Ja, Mitnahme ist ziemlich gut. Der erste Stock ist die Aussicht famos. Man kommt doch schwer nach draußen. Sag, würdest du dir was ausmachen, mir einen Pokémon namens Kleinstein zu zeigen? Die Aussicht im ersten Stock ist famos. Reden wir vom gleichen ersten Stock? Denn ich hier im zweiten Stock kann versichern, ich würde die Aussicht hier nicht famos nennen. Fight lässt uns mit unseren Pokémon in der Mine trainieren. Sicher, dass ihr trainiert und nicht einfach nur arbeitet. In der Region Sinnoh gibt es acht Arenaleiter und das Ziel eines Trainers sollte es sein, Orden von allen acht Leitern zu erhalten. Das heißt für dich, dass du alle acht in ihren Arenen besiegen musst. Verstehe ich schon, ich habe schon mal ein Pokémon gespielt. Ein Arenaleiter ist nicht mit einem normalen Trainer zu vergleichen. Es ist dir hoffentlich klar, dass sie wesentlich zäher sind. Wesentlich! Ich würde so viele Pokémon wie eben möglich mit in den Kampf nehmen. Was haben wir hier für Bücher? Randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Ich klicke das Zeug immer an, weil ich hoffe, dass irgendwas Interessantes steht, aber da steht nie was Interessantes. Oh, das ist ein Anton. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Ich habe einen Finsterball. Oh, der ist ziemlich gut. Pokémon sollte man Spitznamen geben. Stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Aber er hat so ein Anton gelb genannt, nur wegen der Farbe. Irgendwie verstehe ich die Logik dahinter nicht. Das ist, was er hier eure Katze Katze nennt. Gelb Quark. Ich mag so sehr, was er erzählt von wegen... Oh ja, ich gebe deinen Pokémon-Spitzen, aber das versteckt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wie hast du deinen Pokémon genannt? Gelb. Wusstest du, dass das Wesentliche Pokémon genauso unterschiedlich ist wie bei uns Menschen? Daher überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch unterschiedliche Farben bei gleichem Pokémon gibt. Shiny Pokémon. Die darf ich übrigens fangen, unabhängig von der Route und was auch immer, wenn ich irgendwo eins finde. Was aber bisher... Ich glaube, das ist bisher nur einmal passiert in einer Nasog-Challenge. Das war in Schwarz. Und in Schwarz ist die Shiny-Quote doppelt so hoch wie in Generation 4. Hast du schon mal etwas von einem unterschiedlich gefärbten Pokémon gehört oder gar nichts gesehen? Oder wurde die Shiny-Quote erst in Generation 6 gegangen? Ich glaube auch in Generation 5. Was ich meine? Ein Pikachu. Ein Pikachu zum Beispiel ist gelb, ja? Und ein Pikachu in einer anderen Farbe ist orange. Ah ja. Ist ja so. Synos-Szene. Darauf habt ihr alle gewartet. Zeit für Synos-Szene. Deine Quelle für alles Wissenswerte. Hier ist die erste top aktuelle Trend-Story des Tages. Oh, mein Vater ist eine große Nummer beim Fernsehsender. Daher werde ich ja auch im Fernsehen auftreten. Ich verrate euch mal, was über das Wesentliche ist von Pokémon. Ein Pokémon, dessen Wesentliche ist ein Frustverfügtebereich. Ich satiere mir über einen guten Wert. Oh, mein Vater ist beim Fernsehen und deswegen trete ich im Fernsehen auf. Ich lüge ganz bestimmt nicht. Ich habe etliche Pokémon, der ein Wesen froh ist, aufgezogen und konnte das bestätigen. Abseits davon halte ich mich für jemanden mit einem fröhlichen Wesen. Macht's gut. Ah, das ist so ein schlechter Fernsehsender. Der Rehleiter ist im Biedingang, um dort zu arbeiten. Ein Job neben der Arena? Okay. Eine Terme kann nur einmal verwendet werden, eine VRM beliebig oft. Ja, 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 ja. Wenn ich mit meinen Turboträtern durch die Gegend düse, habe ich das Gefühl, alle achten nur auf mich. Das sind keine Turboträter, die du hier verwendest. Dafür bist du viel zu langsam. Ich glaube nicht, ob es im Spiel überhaupt einen NPC gibt, der mit Turboträtern unterwegs ist. Weiters ist der Redeleiter in unserer Stadt. Er mag doch jung sein, aber er sorgt für die Sicherheit in der Mine und den Gewinnbringenden Abbau von Kohle. Oh, ihr Umweltschweine. Falls jetzt Gestein-Pokémon ein, findest du dich auch, dass solche Pokémon hübsch aussehen? Ich mag ihre Figur. Ah, ja. Steine. Meine Lieblingsfigur. Hm, was haben wir hier? Erzlingen-Bergbaumuseum mit Kohle auf du und du. Hä? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich will ehrlich sein. Ich habe es versucht zu verstehen. Das ist ein Minecraft-Blog. Im Bergbau ist ein gesunder Körper, nicht das einzige, was zählt. Man braucht einen sehr starken Willen. Denk mal darüber nach. Um dich herum ist alles stockdunkel und du gräbst dich wie wild durch den Felsen. Ich hoffe, du gräbst dich nicht wie wild durch den Felsen und hast einen gewissen Plan, aber ja. Sag mal ein bisschen weiter, es gibt ja so eine Stadt, ewig genau. Dort soll jemand ein ganz seltsames Leben, den alle nur Untergrund nennen. Mit so einem Namen muss die Expertin-Sachen-Untergrund sein. Ein Jahr. Wow, das ist also Kohle? Ich hatte niemals etwas so Großes erwartet. Farbe erst, die ist wirklich so schwarz, wie alle immer sagen. Äh, ja. Kohle, die habe ich auch noch nie gesehen. Boah, das Fokke aus Süffens tragen kann, muss unglaublich stark sein. Die Arena-Lite aus der Stadt verwechsel ich übrigens immer mit dem einen Cowboy aus der Generation 5. Hatte die da nicht auch in der Mine oder so? Geschichte der ärztlichen Mine. Tja, diese Geschichte erzählt von viel Aufwand und enger Freundschaft zwischen Pokémon und Menschen. Aber mir ist gerade nicht danach, sie zu erzählen. Beschiedene Grummelampen sind hier zu sehen. Die Bergleute trugen diese früher auf ihrem Kopf, wenn sie in der Mine arbeiteten. Ist ja auch was Interessantes. Hört ihr das an? Die ärztliche Mine verläuft sogar unter dem Meer! Wahnsinn. Wie geht es dir? Ich studiere Pokémon-Fossilen. Ja, genau hier und jetzt. Sieh kurz vor dem Durchbruch. Das tue ich. Kurz davor, es fossilen Pokémon zu extrahieren. Das geht. Das kann ich. Aber noch nicht sofort. Nicht sofort. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir ein Fossil haben, können wir es hier abgeben. Das habe ich auf jeden Fall aus der Sache gelernt. Und gleich sind wir mit der Stadt fertig. Keine Sorge. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Es für mich immer eine scheußliche Angelegenheit, wenn ich mich entscheiden muss, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Für mich nicht. Ich lasse immer gute Attacken verlernen und denke mir, hm, so ein Fehler. Hi, dein Pokémon könnten Krafttraining nicht schaden. Warum trainiert ihr nicht in der Miete von Erzelingen? Ert ihr könnte Krafttraining nicht schaden. Warum kümmelst du dich nicht um deinen eigenen Kram? Wow, die Augen deines Pokémon strahlen hier richtig. Das macht mich glücklich. Hier, das möchte ich dir schenken. Wow, ein super Ball. Danke. Weißt du eigentlich, wie die Pokémon in ihren Poké-Bällen leben? Ich denke darüber nach, welcher Pokémon wohl der beste für sie wäre. Wahrscheinlich der Luxusball. Die Miene von Erzelingen wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, den natürlichen Lebensraum der Pokémon zu erhalten. Ja, man kennt das, wenn man eine naturschonende Mine betreibt. Die Förderung der Kohle aus der Erzelingen-Mine an die Oberfläche ist vollautomatisiert. Maschinen übernehmen die ganze Plackerei. Da arbeitet man sich nicht mit dem Rücken krumm. Ja, aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass ihr generell keine Jobs mehr in der Region habt. Und das ist eine Bergbaustadt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hey, weißt du noch, als wir alle hergezogen sind, um in der Mine zu arbeiten? Ja, wie es aussieht, wurden unsere Jobs durch Maschinen ersetzt. Aber dafür arbeite ich mit Rücken nicht mehr rum. Ich arbeite generell nicht mehr so oft. Es ist doch die naive Pokémon-Welt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wir schauen direkt in die Miene, von der ich bereits so viel gehört habe. Aber ja, es ist eine ganz nette Stadt. Wisst ihr was? Ich glaube, mir gefällt das, alle Leute mal so ein bisschen anzuquatschen, ein gewisses Gefühl für die Gegend zu bekommen. Hier in der Nähe befindet sich ein gewaltiger Berg, der über alles hinausragt. Er hat halt Sinn und zwei Hälften. So eine Mauer hatten wir auch mal. Jeder stolz auf die Biene. Im Moment, wo wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie unter dem Meer nach Kohle. Ich finde das einfach faszinierend. Ich meine, ja. So weit würde ich nicht gehen. Schlag kaum, Macholo! Schlag kaum die Felsen weg! Du besichtigst die Miene? Wunderbar, das ist sehr gut. Das ist immer gut, wenn man sich benötigt, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Ja. Ich denke auch. Außerdem suche ich den Arenaleiter. Was sagst du dazu? Piggio? Das dachte ich mir schon. Das Gefühl hatte ich auch, muss ich ehrlich gestehen. Und sehe ich da oben zwei Items herumliegen? Ey, du. Diesen Berg, äh, diesen Berg schmutzigen Sand, das nennt man, äh, Abraumhalde. Das ist ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn man Kohle abbaut. Oh, cool. Ich mag Abfallprodukte. Pudersand! Oh, Pudersand ist so gut! Wenn wir einen Boden-Pogman haben. Schafzahn! Schafzahn verstärkt Bissangriffe, glaube ich. Wir sind natürlich auch der Bösewicht aus seinem Land vor unserer Zeit. Eine zu tragen verursacht der Trägerschaden, erschreckt der Gegner eventuell. Das ist absolut hervorragend. Das ist sogar noch so viel besser, als ich dachte. Das ist also das gleiche wie der Kingstein zum Beispiel. Und das ist ziemlich gut. Einfach mal random Gegner zurückschrecken lassen. Wollen wir noch einen Angriff bekommen, mit dem die Gegner auch so zurückschrecken? Nicht hier durch. Okay, wir können Pokémon fangen. Was bekommen wir? Duflor! Das Problem ist, um Duflor weiterzutwickeln, brauchen wir einen Blattstein. Und Duflor selber ist echt nicht so gut. Aber... Ich weiß nicht, was ich jetzt machen werde. Zuerst mal mache ich eine Aquaknarre. Die sollte Duflor überleben. Ich meine, du wirst ein bisschen gewässert. Das ist doch okay. Und dann würde ich fast sagen, wir werfen dann Finsterball. Nein. Ein Mino, das macht so wenig Schaden. Ich schaue mir erstmal nochmal einen Pokéball an. Spricht prinzipiell nicht wirklich was dagegen. Und damit könnte ich es relativ sicher fangen. Finsterball ist natürlich gut bei Nacht und in Höhlen. Das heißt, in den meisten Situationen, ehrlich gesagt. Oder man kann ihn immer effizient machen. Was war denn für eine Fangquote? Finsterball, ich glaube 4,5 Multiplikator oder so. Also ziemlich gut. Der Honig, der jetzt abgeht, riecht so entsetzlich, dass sich sogar Nasen in 2 Kilometer Entfernung rümpfen. Äh, Duflor. Ich glaube, wir hatten mal eins des... Das ist wieder das Problem an dem Punkt. Ich habe das Gefühl, wir hatten jedes Pokémon mal und wir hatten jeden Namen mal. Habe ich es mal Stinklor genannt? Mir egal, ich nenne es Stinklor. Äh, Duflor zu trainieren wäre... Das ist halt undankbar. Weil ich beim besten Willen... Also, er selber sollte nicht wirklich Angriffe lernen. Und wir können es halt auch nicht weiterentwickeln, wenn ich keinen Blattstein finde. Und dadurch, dass alles randomized ist, könnte es schwierig werden, einen Blattstein zu finden. Gifttafel ist ziemlich gut. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus seinem Splitter. Aus einem Splitter. Ah ja, das ist eine wichtige Tafel, wie mir scheint. Eine göttliche Tafel. Uh, das wäre so cool gewesen. Aber nein, wir bekamen, äh, Duflor, die sich nicht mal wirklich weiterentwickeln kann. Und... Voltoball ist tot. Sehr schön. Ich hatte mir ein paar Fahrungspunkte, mit dem kann ich schaden. Zusätzlich ist Voltoball relativ schnell. Das heißt, ich wusste nicht, ob ich hier vor ihm fliehen kann. Ich bin auch immer noch unsicher, ob ich das hätte machen können. Oh, wir sind ja die Obseana gegeben! Und ich hab'n Duflor bekommen! Duflor! Was bin ich mit'm dummen Duflor? Aquaknarre, schätze ich. Oh, das wäre so cool gewesen. Und Siana ist so ein cooles Pokémon. Vor allem zu der Zeit. Damit meine ich ja hauptsächlich Generation 3, Pokémon XD und Kolossal. Da waren Siana mit ziemlich cool dabei zu haben. Hauptsächlich Pokémon Kolossal, was natürlich Generation 3 war. Das ist richtig, aber erinnere nichts daran, dass Siana ziemlich cool war. Ist wahrscheinlich immer noch cool, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jeder, der an der Mine arbeitet, hat seine Pokémon dabei. Sie fordern dich vielleicht heraus. Hahaha! Ich fand ein paar Steine, oder zumindest dachte ich, das waren Pokémon, die wie Steine aussahen. Oh, Schreck! Waren es etwa kleine Steine? Oder eher Georocken? Rocken? Schlurpleck? Eins meiner liebsten Pokémon. Schau euch an, was es hier für eine schicke, äh... Für eine schicke Schmalzlocke hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich Schlurpleck jemals mögen werde. Ich glaube nicht, das kann maximal einen Zustand von Gleichgültigkeit erreichen, aber nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist okay. Er will jetzt auch gar nicht aus, äh, von seinem Leben. Um Superschall einzusetzen. Superschall ist super nervig. Warum kannst du überhaupt Superschall? Ist das auf deinem Bauch vielleicht ein Schallsymbol? Nein. Könnte. Es könnte gewisser Schallwählen das Lautsprecher darstellen. Ich würde vermuten, dass du demnächst wirst, aber man kann nicht wissen. Das wird gute Erfahrungspunkte geben. 165! Level 14 für Sitzbank. Yo, Aquavelle! Oh, mit Vergnügen will ich Aquavelle lernen. 60 Schaden! 60 Schaden Step und es kann direkt den Gegner noch verwirren zusätzlich. Das ist ein Upgrade, wenn ich jemals eins gesehen habe. Auf welchem Level befindet sich gerade Gluta? Gluta ist auf Level 13. Das heißt, du gehst mal vor. Vielleicht will ich mal schauen, dass ich Gluta demnächst direkt weiterentwickle. Ich meine, spricht nicht wirklich was dagegen. Die Erzlingenmine. Das war auch Erzlingenmine, richtig? Richtig, okay. Wom auch immer oben links das Logo nochmal angezeigt wird. Wies mal, Holo habe ich auf Rote 207 getroffen. Sind mir verlässliche Partner geworden. Ja, ich kann sie noch schwer weiterentwickeln. Berate etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Oh, das, was das lief, was gerade lief, das habe ich oft verwendet in Videos. Oh, der hat einen Pipi? Der ist ein cooles Punkt. Man schaut euch an, wie fröhlich Pipi da sitzt. Das ist ein Highlight. Glut! Bring es um. Zugabe? Okay, okay. Ich meine, der Fehler an deiner Logik ist, dass ich sowieso vorhatte, weiterhin Glut einzusetzen. Bis dein Pipi sich nicht mehr zur Wehr setzen kann. Ich habe das Gefühl, es kann sich auch jetzt schon nicht zur Wehr setzen. Ich meine, vielleicht kann es Pfund. Es sollte Pfund können, aber das ist keine starke Voraussetzung, um den Kampf gegen den Gluta zu gewinnen. Denn der Gluta ist ein guter. Sollte man halt auch nicht unterschätzen. Auch wenn es Leute gerne machen. Du bist schon einer. In der Tat, ich bin einer. Hier. X-Tempo. Ich sollte vielleicht auch bei Gelegenheit da noch ein paar von den X-Items holen, denn die können ziemlich nützlich sein. Lehn dich zurück und staune mit der Tacke zur Trümmerer. Kann man den Fels aus dem Weg römmen? Wow, absolut beeindruckend. Felsen müssen aus dem Weg römmend werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du in Ordnung der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig, also musst du den Arena hinter besiegen und das bin ich. Ich gehe dann mal. Okay. Das war auf jeden Fall gut zu wissen. Na gut, ein schneller Kampf wird meiner Pause. Ich mag dieses Lied. Es lebt ein bisschen wie aus einem Saloon oder sowas. Chief Mia. Gag aber. Denkbar ungünstiger Kandidat im Kampf gegen den Gluta. Denkbar ungünstig. Ich bin gespannt, wie der Rehleiter laufen wird. Ich habe absolut keine Ahnung, was die Levelkurve angeht von Platin, aber... Ich weiß, dass die Level der Gegner durchaus etwas hoch sein können. Das heißt, wir werden sehen, wie das alles laufen wird. Ich habe keine Lust zu wechseln. Das ist mir einfach nicht danach. Ich hoffe, mich zu piksen. Schnabel wurde natürlich in Generation 8 in Pixar umbenannt. Wie ihr selbstverständlich alle wisst, um der ursprünglichen Bedeutung etwas näher zu kommen. Ungewohnt, aber... Schnabel war immer eine ungewohnte Angriff, weil man sich dachte, warum... Noch nur für den Klau, hä? Warum kann Goldini Schnabel lernen? Beziehungsweise Schnabel ist mehr oder weniger. Der Sieg Naturangriff von Goldini, habe ich das Gefühl. Und Pinzi, das wäre auch so cool gewesen! Wir bekommen keinen sehr coolen Pokémon! Äh, Blut! Und... Das war Pinzi, ja. Wie sage ich es euch? Blut, da ist so kurz davor, sich zu entwickeln. So kurz davor! Ich fahre mich auch, wie das, wenn sich zu einem Pokémon von einer ganz anderen Entwicklungsreihe entwickelt, wie es dann mit den Stats aussieht. Zum Beispiel Glurake, oder... Nein, aber irgendwann sollte er sich ausgleichen, ungefähr, oder? Doch, doch, sollte sich ausgleichen. Ich glaube, die Base-Stats hängen immer davon ab, welches Pokémon es generell ist. Pazeron wäre auch so... Hier sind so coole Pokémon und wir bekommen Dooflor! Oh, es gibt so viele so coole Pokémon hier! Und wir bekommen das dumme Dooflor! Nicht so gut stinklo, aber... Mein Gott, ist das eine Enttäuschung! Und bald Level 16! Genau, die Stats sollten sich relativ angleichen, soweit. Von dem Pokémon. Vorher wollte ich nur sagen... Sogar Glutexo! Sie haben einfach an alles gedacht! Gluter! Zeig dem Fake-Gluter, wer der Chef ist! Kratz ihm ins Gesicht! Reiß ihm die Haare aus! Kratzer! Und das war Glutexo! Das war sehr beeindruckend! Oh, wir sind so kurz davor! Level 16 könnte die Entwicklung sein! Ich wünsche übrigens, ich hätte ein Fluchtseil, das Protokoll! Aber wenn wir schon mal hier sind, dann nehme ich auch das Training mit! Ich wünsche trotzdem, ich hätte ein Fluchtseil! Und ein Voltobal! Oder wie ich so gerne zu sagen pflege, Voltobal! Dann so steht es geschrieben! Und das war, äh, Voltobal! Level 16! Was haben wir 16 der Entwicklung? Ich bin mir echt so unsicher! Drachenwut! Uiuiuiuiuiui! Die könnte uns durchaus weiterhelfen in den ein oder anderen Situationen! Es entwickelt sich! Los Glute! Zeig uns, ob du ein guter wirst! Oh, es wird zu nem Chelsea rein! Heißt das so? Wird so ausgesprochen? Das ist relativ fürchterlich, ehrlich gesagt! Was absolut kein, äh, Pflanzenangriff kann, aber... Wir sind soweit bei nem Starter-Pokémon geblieben! Glute ist, äh, Glute ist der Öko-Bewegung beigetreten und hat sich beschlossen, selbst zu einem Pflanzenpokémon zu werden! Er möchte nicht mehr Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung! Ja, wir schauen uns gleich die Stats und sowas an! Ich würde sagen, dass es, äh, Glute, äh, Drachenwut gelernt hat, wird das unfassbar hilfreich sein! Aber mal schauen! Na ja, mal schauen, wie der Renner laufen wird! Glute! Scharfzahn, locker, Liebkämpfe! Ordentlicher Angriff, nicht so ordentlicher Spezialangriff! Ja, die Angriffe sind halt echt nicht optimal, aber... Ich denke, es sollte, ähm, als Zeltereien schon ein paar relativ akzeptable Angriffe lernen, was ganz gut ist! Zumindest hoffe ich das einfach mal! Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt! Ich vermute einfach mal, auch wenn ich sagen muss, in meinem ersten, äh, Run von Generation 4 war das das Starter-Pokémon meiner Wahl! Und ich dachte, Chelterra war ziemlich cool mit seinen Boden- und Pflanzenangriffen! Ich hatte generell zu der Zeit eine starke Phase von Boden-Pokémon, die ich sehr cool fand! Ich mag Boden-Pokémon immer noch, aber damals fand ich sie wirklich cool! Aber gut, dann würde ich sagen, was uns bei der Renner alles erwarten wird, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Platin in der Randomizer Nasog Challenge! Ich hoffe, ihr seid dafür bereit! Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächstes Mal und, äh, gute Nacht! Hallo! Und, äh, willkommen zurück zu Pokémon Platin in der Randomizer Nasog Challenge! Beim letzten Mal haben wir die Erzelingen-Mine hinter uns gebracht und heute... Und Loot hat sich natürlich weiterentwickelt! Heute stellen wir uns die Arena! Warum kann man hier überhaupt den Trainern ausweichen? Wolltest du den langen Weg vermieden, weil du es irgendwie, äh... Weiß nicht, warum du es getan hast! Oder wie gut? Ich hab keine Ahnung! Ich hab's nicht ganz gelesen! Ah, Test Veronika! Kamaupp ist natürlich ein sehr guter Gegner für meine Sitzbank! Aquawelle! Hm... Machen wir wirklich ein bisschen Sorgen, wie es mit der Kämpfe laufen wird, mit der Arena-Leiter, wenn sie erstmal mehrere verschiedene Puppen haben, an dem Punkt, äh, die werden nämlich alle von komplett verschiedenen Typen sein und... Ich glaube, das könnte echt stressig werden! Dann wiederum hat es auch einen großen Vorteil, nämlich werden wir nicht mehr auf, äh, Drachentrainer treffen! Denn ich weiß nicht, ob ihr euch, äh, daran auch erinnert... Ich denke, ihr werdet euch daran erinnern, wenn ihr eine andere Nase auch jemals gesehen habt, aber... Wenn man die, äh, Trainer darauf gestellt hat, dass sie Pokon von einem gewissen Typing immer haben... Irgendwann kommt immer der Drachentrainer und mein Gott! In Generation, äh, 3, 4 und 5... Sind, äh, Drachentrainer ein Problem! In Generation 6, wo es dann nicht Feentyp und generell, wo drauf bisschen, äh, geschwächt und sowas... Wo es ein bisschen weniger, aber... Mein Gott! Das ist nicht schön! Oh, hey, das ist doch... Das Pokémon, das dafür bekannt ist, dass es jeder vergisst, aber... Dazu muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist ein Pokémon... ...dessen Existenz ich auch sehr gerne vergesse. Ich habe das Gefühl, es ist einfach nur ein, äh... Blaues Goldini irgendwie. Ja, das ist aber tatsächlich eine ganz andere Fischgattung! Das ist ja trotzdem überdimensionale Flossen und sowas. Ist mir egal. Er hat mich auch in ein blaues Goldini... Ist das, wie es ist? Hast du mir nicht so ausgesucht? Und Scheinwerfer. Dann würde ich sagen, ich werde gleich noch ins Pokémon Center gehen, weil... Ich habe nicht das Gefühl, dass Sitzbank in dem Ausmaß geschwächt ist, dass ich das machen sollte. Gleichzeitig... ...gibt es auch keinen Grund dafür, dass ich einfach mit 7 KP weniger, als ich eigentlich haben könnte, in den Kampf starte. Denn, mein Gott! Wir können sehr schnell wegen 7 KP zu wenig sterben. Das sind so die Kleinigkeiten, die man gerne mal außer Acht lässt, aber in der Nullsock Challenge kann sich ein derartiger Fehler sehr stark rächen. Ähm... Und wir haben aktuell drei Tränke dabei. Ich denke, das ist ausreichend. Ich möchte sagen, dass ich sowieso nur zwei gute Pokémon habe und jedes Pokémon pro Kampf nur einmal heilen darf. Die anderen Pokémon werden sowieso nicht in der Lage sein, einen Angriff zu überleben. Auch wenn ich natürlich Trash... Ja, ich wollte Trashy noch trainieren. Ah, sollte ich noch einen Angriff nehmen, fällt mir gerade auf. Fangen wir erstmal hier mit an. Willkommen! Das ist die Arena von Erzelingen. Ich bin Veit, der Arena-Leiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arena-Leiter kenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von deiner Kraft... Äh, von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Dann lass uns mal Überzeugungsarbeit leisten, Mia. Ace-Trainer Mia. Das ist ein ziemlich cooles Pokémon, aber... Ich denke, es hat gegen Sitzbank nicht allzu viel auf der Hand, ehrlich gesagt. Die Spezialverteidigung von Starlos ist legendär niedrig. Das habe ich nicht nur so gesagt. Oh, Steinwurf! Oh, das könnte wehtun. Ja, ist okay. Er setzt seinen ersten Trank ein, was so ein normaler Trank ist. Sehr schön. Das heißt, wir haben schon mal die erste Heilung verbraten. Puh, Stolz war erstmal ein bisschen beängstigend. Wie viele Erfahrungspunkte? 500! 504 auf dem Level. Ich weiß noch, in Generation 2 war es etwas Besonderes, wenn man von dem Pokémon mal mehr als 1000 Erfahrungspunkte bekommen hat. Und hier haben wir direkt in der ersten Arena Pokémon, die 500 geben. Magma. Denkbar günstiges Pokémon als Gegner für meine Sitzbank. Konsum auf den Feuerangriff. Und er verbrät den zweiten Trank. Das ist sehr gut. Das heißt, dein stärkstes Pokémon sollte keine Heilung mehr verfügbar haben. Und Magma sollte auch sterben. Yes! Und das war Magma soweit. 429. Das ist jedenfalls wieder so viel. Oh. Glaubst du, du kannst das nächste Pokémon wieder so einfach besiegen? Nein, das würde ich nie glauben. Das ist nämlich ein sehr erschreckendes Pokémon. Ich hoffe, ich werde diesen Kampf nicht verlieren. Oh, oh. Oh Gott, der bittere Kurs. Ah! Labras, nein! Bleib bei mir! Sitzbank! Kannst du es nicht gehen! Kannst du es nicht aufgeben! Halte durch! Ich brauche dich noch für länger! Ernsthaft? Verletze ich nicht. Ich meine, man muss fairerweise sagen, dass Pi leistet mit Abstand am meisten Widerstand von einem Pokémon, die er hat. Oh, Trash hat irgendwas gefunden. Trashy macht sich schon jetzt bezahlt. Los geht's, Lothar! In deiner neuen Form. Imitator. Was ist Imitator? Warum geht dein Gesang eigentlich nicht daneben? Wahrscheinlich imitiert der Imitator den letzten Angriff, der verwendet wurde? Gleich wacht Glutar auf. Und wenn Glutar aufwacht, dann wird die Erde beben. Wach auf, Glutar! Ich glaube, Pi hat die KI von Pi ein bisschen gestorben unterwegs. Oh mein Gott! Pi greift dich an, aber das, was es macht, ist so anstrengend. Komm schon, Glutar! Yes! Die Drachenwut! Und so haben wir gewonnen. Für was? Das darf ich was? Ein durchtrainiertes Pokémon! Ja, das war sehr durchtrainiert. Ich war der SP-Walen-Äh, nervig. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsen hart! Du bist so stark und ich war so schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden. Als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohle-Orden der Pokémon-Liga. Falls ihr nicht wisst, wie die Musik geht. Der Kohle-Orden erlaubt es, deinem Pokémon die versteckte Maschine zur Trümmerrauch außer beides Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. Oh, das könnte interessant werden. Tarnsteine. Erinnern mich nicht, dass das die Attacke Tarnsteine enthält. Schlammbombe. Schlammbombe ist auch ziemlich stark. Kann jemand die Schlammbombe lernen? Zufälligerweise Gluta. Gluta kann sie zufällig lernen. Das ist ziemlich gut. Ich werde Spezialangriff werden von Gluta. Ist nicht gut, aber... Gluta ist vom Typ... Warte, ist Gluta schon Pflanze und Boden? Es sollte schon Pflanze und Boden sein. Dafür ist nämlich ein Step-Angriff ziemlich angenehm, um das weitere Überleben zu sichern. Nein, es ist nur Pflanze. Ein Step-Angriff wäre ziemlich gut, um das weitere Überleben zu sichern. Hinter der Aussage stehe ich zu 100%. Das Problem ist nur, dass wir keinen bekommen haben. Der Bodentyp kommt ja später dazu. Und das ist halt das Problem, dass wir keinen Shelterer bekommen werden, weil die Entwicklungen randomized sind. Kritisch. Will ich jetzt noch zurückgehen und trainieren, oder will ich einfach... Ich glaube, ich gehe einfach kurz in die Mine und werde darüber versuchen, Zick-Zacks ein bisschen zu trainieren, nachdem da relativ starke Pokéen unterwegs waren. Ich würde sagen, ich versuche, dass ich Level 10 ungefähr anstrebe. Und dann würde ich, glaube ich, auch noch gerne nachschauen, wann sich Zick-Zacks weiterentwickelt. Auf Level 20. Das ist durchaus machbar. Trash hat Kopfnuss gelernt. Es wird auch Zeit, denn die Stetsis dazu bekommen, sind echt nicht so hoch. Aber mit Kopfnuss sollte es jetzt hier in der Lage sein, endlich mal alleine zu trainieren. Dass schon mal ein ganz guter Anfang wäre. In dieser Höhle gibt es sowohl Gryphook als auch Zubiris fürs Protokoll. Und das ist kein Pokémon, gegen das Trash mit seiner Kopfnuss sondern nicht weit kommt. Keins von beiden. Okay, Trashy, wie wirst du dich gegen Voltoball schlagen? Ich meine, es ist ein Voltoball. Das solltest du hinbekommen, mit der Kopfnuss. Komm schon. Und... Hälfte? Bei dem Level 5 Voltoball. Voltoball ist ein Pokémon, das effektiv keine Verteidigung hat. Aber okay. Trashy ist soweit. Das ist keine Kampfmaschine. Trashy ist nicht unbedingt ein Kämpfer, aber das wird alles schon. Darum mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Spätestens dann, wenn es sich weiterentwickelt. Ich frage mich, ob die Entwicklungsstadien gleich bleiben. Bei dem, zu welchem Pokémon es sich entwickelt. Also das bedeutet, dass Trashy sich zum Beispiel zu den Pokémon entwickelt, welches... Wo ist mein Parallel da? Welches auch noch zwei Stufen hat. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und wir bekommen einen Superball. Danke, Trashy. Oh ja, ich trainiere Trashy noch ein bisschen. Es hat einfach 10 Angriff auf Level 10. Oh, Trashy. Ich weiß nicht, ob ich dich jemals wirklich irgendjemanden kämpfen lassen kann. Ich bin mir da echt unsicher. Das ist halt sehr wenig Angriff. Also, wirklich, wirklich, wirklich wenig. Gluta versucht, Fluch zu lernen. Äh... Ich meine, besser als Rauch, wohl geschätze ich. Fluch ist an sich okay. Ich glaube, es bringt aktuell nur noch nicht allzu viel, weil wir keinen guten physischen Angriff haben, aber prinzipiell kein verkehrter Move. Es gibt hier ein wildes Mew. Okay, Trashy. Ich glaube, es kann lediglich Wandler. Also, da ist nichts so... Schau mal, ganz auf Pfund. Oh, das macht mehr Schaden als Trashy an Mew. Wenn es was Dummes macht, könnte ich vielleicht. Yeah! Okay, Trashy. Zeigst diesem Zickzacks. Das setzt Tackle ein. Das ist... Das ist kein cleverer Move. Okay. Aber das gibt satte Erfahrungspunkte. Das kann ich euch schon versprechen. Und ein Volltreffer. So hat Trashy Mew besiegt. 77? Warte... Warte, was? Das war ein Level 9 Mew. Hat Mew so schlechte Stats? Ich meine, ganz offensichtlich, aber... Oder hat sie Stats von... Ich mache mir langsam Sorgen um diese Höhle. Folgende Sache. Wir lassen das spontan... Wir lassen das mal ganz spontan nicht gegen Ente im Alleingang kämpfen. Okay? Silberblick. Das ist soweit okay. Ich meine, ich weiß nicht, ob Ente auf dem Level schon Angriffe kann, aber... Ich würde mein Glück ganz gerne nicht herausfordern. Ehrlich gesagt. Und das war Ente soweit. Okay. Kann ich jetzt wieder normal trainieren? Ich habe gerade beschlossen, dass ich echt keine Lust mehr habe, darum zu trainieren. Stattdessen werden wir einfach mal weitergehen. Ich glaube, wir können direkt nördlich auf der Route hier direkt Pokémon fangen, was ganz cool wäre. Und ansonsten werde ich Trashy immer noch an erster Stelle lassen und darauf hoffen, dass Trashy den einen oder anderen Erfahrungspunkt mitnehmen kann, was ganz cool wäre. Aber ja, mal schauen, wie es laufen wird. Sollten Trashy auf jeden Fall auf Level 20 bekommen können. Es sollte auch nicht so viele Erfahrungspunkte bis dahin brauchen, aber wir werden sehen. Route 207. Das wollte ich sehen. Und was können wir hier für ein Pokémon mitnehmen? Es ist ein... Oh mein Gott! Okay. Okay, das ist... Oh mein Gott! Oh, das ist so cool! Oh yes! Ich bin so bereit für Stachaptor! Au! 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 Das war nicht so cool, muss ich ehrlich gestehen. Ähm... Das Problem ist, ich habe nicht wirklich als für mit Stachaptor schwächen kann. Ich will jetzt Trashy auch nicht opfern. Das heißt, ich denke, ich werde einfach mal ganz cool Konfustrahl einsetzen. Und dann einfach ein paar Pokebälle werfen und sehen, was passiert. Vielleicht will sie an einem drinbleiben. Stachaptor könnte auf jeden Fall der Star werden. Das sage ich euch. Wenn das in den Nahkampf geht, dann wird die Sache unbequem. Äh... 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 Gleich den Fernsitz der Nacht oder einen dunklen Ort. Das ist nicht ganz Nacht, das ist eher Abend in dem Spiel. Ich glaube, es müsste noch eine dunklere Stufe geben. Oder? Keine Ahnung. Äh... Sieht nicht so gut aus. An sich würde ich das Ganze gerne, äh... Trashy übernehmen lassen aus Schwächen. Das Problem ist, dass Trashy bei dem Volltreffer direkt so viel Schaden nimmt. Trashy ist halt echt nicht stark. Seitdem er hat Trashy nicht umsonst. Hahaha. Oh, das ist eine Menge Schaden, die du nimmst. Das zeugt von einem äh... sehr hohen Angriff. Was ganz Gutes. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt noch Gesang. Das wäre sehr hilfreich. Aber nein, kein Gesang für mich. Vielleicht hätte Duflor... Nein, warte, das ist ein Fehler. Ich wollte überlegen, ob Duflor nicht vielleicht in eine andere Fette, womit ich Staraptor einstehen lassen kann. Aber ich habe das Gefühl, Duflor wird dich allzu lange überleben mit Staraptor. Ist einfach nur so eine Vermutung. Komm schon. Komm schon. Nein! Verletzt dich noch mal selbst vor Verwirrung. Komm schon. Ach, natürlich nicht. Jetzt wird es gleich auch nicht mehr verwirrt sein, aber ich werde weiterhin ausdauernd meinen Pokéball werfen. Wenn genug Zeit vergangen ist, werfe ich einen Timerball und dann sollten wir sowieso auch fangen können. Ich meine, die Fangquote scheint nicht komplett fürchterlich zu sein und Staraptor sieht es nur nicht gut. Aber es ist nicht mehr verwirrt. Ich muss sagen, bisher seit wir Konfustrahl haben, ist die Erfolgsquote der Verwirrung entsetzlich gering. Ich würde fast so weit gehen, zu behaupten, dass sie so gering ist, dass es sich absolut nicht lohnt, Konfustrahl überhaupt einzusetzen. Fast so weit. Ich meine, es bringt einfach nichts. Müsste die Chance nicht 50-50 sein, ob der Angriff durchgeht. Aber irgendwie bringt die Verwirrung absolut nichts. Dabei wäre sie hier ein wirklich guter Ansatz, um Staraptor ein bisschen geschwächt zu bekommen. Außer bleibst jetzt im Wald. Nein, ist okay. Würde ich auch nicht machen an deiner Stelle. Komm schon. Dankeschön. So. Wir haben die Hälfte erreicht. Wir sind im gelben Bereich. Das ist doch schon mal Fangquoten-technisch sehr hilfreich. Richtig? Richtig. Ja, richtig. Richtig. Sehr hilfreich sogar. Und wir haben einen Staraptor. Oh, das ist so gut. Selbst mit einer Verletzung greift es immer weiter an. Ziert es sich, äh, ziert sich etwas aufgrund der Form seines Kamms. Hm, wie nennen wir Staraptor am besten? Ich bin mir nicht sicher, ob wir mal eins... Ach Gott, ich weiß... Ich nenne es Sterni. Das ist ein dummer Name. Hat mir mal einen Staraptor Sterni hieß? Ich kann es in dem Punkt wirklich nicht mehr sagen. Ein gelbes Stück. Schön. Nicht großartig, aber schön. Sterni. Das kannst du alles. Nickt auf dein, pfiffig. Keine Ahnung, was das bedeutet. Nickt auf dein müsste auf jeden Fall, äh, KP sein. Tecke, Heuler, Ruck, Zuck, Hieb, Flügelschlag. Was, wenn wir den Flügelschlag nicht in die erste Stelle packen? Denn den werden wir einsetzen. Das kann sogar schon Flügelschlag. das ist so stark. Ich würde es eher flügelstark nennen, ehrlich gesagt. Hyperheiler von Trashy. Trashy macht sich bezahlt. Trashy hat uns ein paar Hyperheiler spendiert und die sind nicht günstig. Was kostet das? Ich glaube, 1000, äh, Pokedollar. Skaraborn. Wäre auch ein super cooles Pokémon gewesen. Ich hätte mich auf keinen Fall über Skaraborn beschwert. Ich würde fast sagen, meine Reaktion auf Skaraborn wäre sehr, äh, wäre der bei, ähm, Staraptor sehr ähnlich gewesen. Sind beides sehr coole Pokémon, aber ich bin dennoch froh, dass wir Staraptor bekommen haben, denn Pokémon saubern, dass fliegen kann. Ich meine, man kann natürlich nicht wissen, wie lange es uns erhalten bleiben wird, aber prinzipiell würde ich einfach mal sagen, das ist, äh, ganz gut für die Zukunft. Falls wir mal irgendwann fliegen lernen wollen, dann können wir es nämlich lernen. Und Level 12 für Trashy. Uh. Wieder Arbeit, Trashy. Hm, ich überlege, ob ich Staraptor noch ein bisschen unten in den Minen trainieren will, bevor ich weitergehe. Denn, ähm, ich glaube, ich würde Staraptor gerne einsetzen. weil es halt echt hilfreich ist. Ja, ich meine, ich habe in dieser Folge schon viel trainiert, aber ich denke, es wäre dumm, das nicht zu machen, also ist es an der Zeit, mehr Trainingseinheiten an den Tag zu legen. Für Sterne. Oh, und wie ist Elektrik, dass erst Puppern dem Sterne begegnet? Absolut typisch. Es hat jetzt schon dreimal so viel Angriff wie Trashy. Will ich Sterne Doppelteam beibringen? Ich würde sagen, Doppelteam ist auf jeden Fall sinnvoller als Heuler. Der Doppelteam werde ich vielleicht einsetzen. Heuler dagegen? Nicht so sehr. Ich glaube, Sterne ist mit Level 15 bereit, weiterzugehen. Sterne braucht super wenig Erfahrungspunkte für Level-Ups und es ist jetzt schon super stark. Könnte, glaube ich, unser stärkstes Pokémon sogar sein an dem Punkt. Vergleich zu Trashy ist das, das ist kein Vergleich. Trashy, ähm, schlägt sich nicht allzu gut. Ich glaube, es hat auf Level, welches Level ist es? 14 oder so? Und dann hat es auch nur 14 Angriff oder sowas. Es ist echt sehr schwach. Bei Leger sollte ich also wirklich versuchen, erstmal die Box zu wechseln. Wenn ich jetzt ein weiteres Popon fangen werde, wird es sonst direkt im Friedhof landen. Und das würde ich doch gerne vermeiden. Zum einen. Zum anderen, wir müssen Trashy nur bis Level 20 durchfüttern und dann sollte sich das alles irgendwie von selbst lösen. Ich denke, ich packe Trashy wieder in die erste Stelle. Also auf Level 12, wie viele andere fährst du? 12 Angriff. Und die anderen setzen halt auch nicht viel höher. Puh, das ist, ähm, schwierig. Das Gefälle ist zu rutschen, da brauchst du ein Fahrrad, um uns zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad, denn ewig genau gibt es ein Fahrradgeschäft. Nein, da komme ich hoch, glaub mir. Glaub mir, das schaffe ich. Gib mir mehr Zeit. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich hätte, glaube ich, gerne einen Fahrrad. Dann könnten wir ziemlich schon unterwegs sein. Ich würde aber sagen, wir verlassen diese wunderschöne Kohle-Minen-Stadt und, äh, begeben uns auf den Kampf gegen Jochen. Bums. Bums, aber für mich, dass du in Ordnung bekommst, was? Ewig genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat, habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen, das heißt, ich will nicht gegangen. Ohne einen Fahrrad kommst du gar nicht hin. Und dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden, hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewig genau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprint ich los. 9. Bah, wird schon Zeit zum Zählen. Okay. Immer wieder eine Freude, mit dir zu reden, mein Freund. Mein bester Freund. Ich sollte mich schon genauer ausdrücken. Charmian, das wäre auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Trashy, wirst du das besiegen können? Ich habe schon Trashy. Oh. Ah, da kommt der Heuler. Ich wollte gerade sagen, das hat die Hälfte abgezogen, aber nein, da ist der Heuler. Alles okay. Trashy schlägt sich okay in diesem Kampf. Er schreckt zurück. Und noch eine Kopfnuss. Was haltet ihr davon? Wie viel Erfahrungspunkt bekommst du? 180. Das ist nicht so viel. Ich meine, es war auch ein Charmian. Ich weiß nicht, was ich sonst erwartet habe. Los, Kanoni. Der Zertrümmerer. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ein Item bekommt bei Zertrümmerer. Erzelingentormoment. Das ist, okay, das gleiche. Beziehungsweise der gleiche Name, auch wenn das Gebiet natürlich viel größer ist. Aber hier gibt es auf jeden Fall keinen Pokken für uns zu fangen. Und das ist der Punkt, der für mich relevant ist. Ein Tengu-List. Ah, das sollte, glaube ich, nur Geduld können. Richtig. Richtig. Schreck zurück. Es nimmt eine Menge Schaden durch Trashys Kopf. Vielleicht kann Trashy ja doch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Oh, es kann Fint, ja? Uh, das könnte wehtun. Es tut in der Tat auch ziemlich weh. Für Trashy, es fehlen nicht mehr viele Level, bis wir es geschafft haben. Weil, weil sind wir durch. 206 Erfahrungspunkte. Ich hasse es, dass Trashy auch mehr Erfahrungspunkte braucht als Staraptor. Und zusätzlich noch viel schwächer ist, aber wir müssen auf 20 kommen. Ich werde auch irgendwann aufhören, darüber zu meckern. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann werde ich aufhören, darüber zu meckern, okay? Irgendwann wird es passieren. Was haben wir hier? Nicht schlecht. Bist du, weil er sich über diese Themen unter Umständen freuen würde? Lapras. Ich habe mich eingestellt, dass Pokémon Angriffe, TMs lernen können, wenn es Angriffe sind, die sie auch selber später irgendwann lernen. Jeder kann Hydro-Pumpe lernen, aber komm schon. Komm schon, es gibt einen Pokémon, bei dem es sinnvoll ist, als bei den anderen. Aquare werde ich behalten. Ich würde gesagt, Eissplitter wegpacken. Eissplitter ist an dem Punkt, als ein physischer 40er-Angriff echt nicht mehr so hilfreich, wie es mal war. Aber hey, Eissplitter hat gute Arbeit geleistet und Lapras hat ein ziemlich fortgeschrittenes Moveset an dem Punkt, mit Scheinwehr von Hydro-Pumpe. Schmerbe! Oh, Trashy, komm schon, damit wirst du auch fertig. Das schaffst du. Wieso bin ich Schmerbe fertig? Kopfnuss! Yeah! Mach dir nicht gleich nass, Schmerbe. Du, du stellst dich gerade der Macht des Trashy. Ich habe es, als es noch jung war. Als es noch ein junges Fohlen war, habe ich Trashy in einer Mülltonne gefunden. Daher der Name. Deswegen ist es mächtig und kämpft um sein Überleben. wie damals gegen den Müllsack. Ich weiß, mir gefällt diese in der Grundgeschichte nicht. Die ist deprimierend. Ich mag den Gedanken nicht, dass Trashy im Müll gelebt hat und sich von Müll irgendwie ernähren musste und fast erstickt ist. Das ist nicht schön. Das ist keine Geschichte, aus der ein Held hervorkommt. Könnte ich hier nicht kämpfen. Hey! Siehst du, in kleinen Erhebungen auf dem Boden, über die muss man schnell mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Man kennt das, wenn man in der Höhle unterwegs ist und sich sagt, yeah, jetzt erst mal ein paar sicke Stunts mit dem Bike. Was soll da schief gehen? Was ist Küstensalz? Salz, das sich tief in der Küsthöhle befand. Es ist extrem salzig. Salz ist salzig. Verstehe. Ich hatte so irgendeinen anderen Effekt. Ich wusste nicht, dass es Küstensalz auch in Generation 4 gibt. Ich kannte prinzipiell nur das aus Generation 3. Okay, Trashy, wirst du diesen Kampf bestehen? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nassmacher. Wenn wir Glück haben, ist Goldkings KI ein bisschen kaputt. Das wird die ganze Zeit nur Nassmacher machen. Und das wäre ziemlich hilfreich. Goldking hat Zähne wie ein Vampir. Es hat Lippen wie ein Mensch. Goldking ist Warum hast du einen Vampir im Mund? Ich bin schon Trashy. Das ist der Routenschlag. Und das ist der Moment, an dem ich sage, wir sind raus Trashy. Denn dieser Kampf wurde gerade gefährlich. Es war alles sehr lustig, bis er das gemacht hat. Das kann nicht bestimmt Hornattacke. Und Hornattacke in Kombination mit dem Routenschlag ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. das entwickeltes Pokémon und das könnte Trashy dann direkt killen. Dieses Risiko möchte ich dann doch nicht eingehen. Vor allem nicht, nachdem ich so lange versuche, Trashy zu trainieren. Angriff plus null. Mensch. Das wäre schon fast zu schön, um wahr zu sein. Plus null Angriff. Ich hätte übrigens nie gedacht, dass Zickzacks dermaßen schwach ist. Ich wusste, dass es kein Superstar wird, aber... Puh! Nicht so stark. Um es freundlich zu formulieren. Du könntest aber wieder ein Item finden, ehrlich gesagt. Wir wären ja schon fünfmal durch die Höhle durch, wenn ich einfach Sterne kämpfen lassen würde. Ist ja eigentlich noch irgendwas anderes zu sehen, oder... Wo ist die überhaupt als nächstes hin vom Spiel aus? Ich glaube, ich muss gar nicht in die Höhle, oder? Beziehungsweise hier oben in den Bereich. Oh, Lavita! Das ist ein cooles Pokémon. Da werde ich sehr keine Lust drauf werfen. Ähm... Ich denke, ich gehe wieder. Ich meine, wir haben Hydro-Pumpe gefunden und ein paar Level-Ups mitgenommen. Das heißt, das war auf jeden Fall den Ausflug wert. Aber wo wir mich ansonsten hingehen? Vielleicht kann ich westlich irgendwo weiter. Ich denke, ich werde zurück nach, äh... Jubelstadt gehen. Was ist die Jubelstadt da links? Wahrscheinlich. Wir gehen da einfach hin und schauen, ob, äh... sich da irgendwas versteckt. Und im schlimmsten Falle gehe ich nochmal zurück, denn der Weg ist nicht allzu weit. Oh! Äh... Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wie bizarr. Damit gibt es im Keller das Fogba-Zetter ist doch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden mich nun an andere Orte bringen. Aber, liebesbefeuertes Wesen, haltet die Augen offen. Komisch, das Objekt, der kann jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Ich glaube nicht, dass der Humor von solchen Szenen in den Remakes, sofern er in den Remakes auftauchen wird, ich glaube, er ist ein Platin-Charakter. Ich habe das Gefühl, das werden sie nicht ganz übertragen können irgendwie. Aber wir werden sehen. Oder ihr werdet sehen, keine Ahnung, ich es kaufen werde. So am Rande. Ich werde aufhören, darüber zu reden. Das ist eine Aussage, die diese Videoreihe nur unnötig älter werden lässt, als es nötig ist, innerhalb von kürzester Zeit. So, was haben wir hier drüben? Wir haben hier Jubelstadt, Stadt des Frohmuts. Das geht aus dem Namen hervor. Wenn du hier weitergehst, bekommst du an die Route 280, dort kann man wunderbar angeln, das weiß noch kaum einer. Der scheint es zu wissen, eine Angel ist wirklich gut, meinst du nicht auch? Yeah. Dankeschön. Eine Angel ist schon echt gut. Wir können natürlich jetzt in die Anfangsstadt zurück und schauen, ob ich da noch einen Pokémon fangen kann, aber nicht wirklich Lust darauf. Mal schauen, wenn wir mal was angeln werden. Gibt es einen Grund, hier zu angeln? Oh, hier gibt es nichts anderes, als zu angeln. Ein Elixier. Ich denke, wir werfen direkt die Angel aus und sehen, was wir bekommen. Kurz hier angeln in Generation 4. Ich werde es herausfinden. Ich muss einfach nur einmal im richtigen Teil drücken. Das war die richtige Vermutung von mir. Morable! Sie entwickeln sich leider erst auf Level 36, aber uuuh. Trashy? Deine hohe Angriffskraft ist diesmal von uns zu nutzen. Oh, wirklich? Okay. Okay. Verstehe. Das ist also der eine Kampf, vor dem du dich entscheidest, einen Pokémon in einem Angriff zu töten. Okay. Dankeschön. Das war sehr cool von dir, muss ich sagen. Ich wollte es morgen aber auch gar nicht. Das ist das zweite Mal, dass das, äh, dieser Nasr-Challenge schon passiert, dass wir einfach ein wildes Pokémon mit dem Volltreffer killen. Aber was soll ich denn machen? Was muss ich da hören? Professor Aibe, Ihnen bleibt keine Wahl. Jetzt rücken Sie schon mit Ihren Forschungsergebnissen raus. Für lau, versteht sich. Für Ihr Fehlverhalten müsste, äh, müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Oh, Herr Wuppi, endlich, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's im Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Den Orden der Arena von Erzelingen. Aber hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor aller Pokémon, machen Sie es uns doch nicht so schwer. Es geht hier ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit ist uns nichts. Was ich damit sagen will, geht's auf unsere Forderungen ein. Ruhe alle miteinander. Wieso muss ich mich mit euch umgeben? Zunächst solltet ihr einmal einige Lektionen für die Zukunft aneignen. Erstens, man lunkert nicht einfach so in öffentlichen Plätzen herum. Richtig. Zweitens, unterbreicht der andere nicht mit dem Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr denn da nur für absurde Anzüge an? Geschmacklos. Herrje, um sowas sind sich Erwachsene. Kinder, wachst bloß nicht zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Oh, mit Professor Iwes nicht zu spaßen. Natürlich, natürlich mussten sie unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es noch bereuen, Team Galaktik beleidigt zu haben. Kinder, bringt diesen Rohling in etwas Anstand bei. MOP, lass uns kämpfen. Okay. Sind die Anzüge wirklich so geschmacklos, wie man sich erzählt? Ja, doch, schon ziemlich. Motorpel und Snobilikat. Okay, Lazy Jacqueline. Gastrodon. Ich würde sagen, wir Kopfnuss erst mal das Snobilikat. guter Volltreffer, sehr schön. Aber es ist akzeptabler Damage, muss ich sagen. Motorpel, wie zu erwarten, leistet nicht als viel Widerstand und Gastrodon ist, wie zu erwarten, keine allzu große Hilfe. Ich würde sagen, es läuft alles, wie ich es erwartet hatte, soweit. Bitte aufhören, alle Trashy anzugreifen. Und Gastrodon, ernsthaft, willst du vielleicht vielleicht auch nicht helfen? Nein. Es kommt eh gleich ein Folter von Trashy, ist rot oder so. Hey. Oh, äh. So ganz hinterlegen. Ah, einfach zu hilfreich. Los, Trashy. Nimm den Trank, den hast du dir verdient. Ich siege bitte das Nobilikat oder das Nobilikat greift bitte Gastrodon an. Das wäre auch ziemlich cool. Dankeschön. Sind wir kein Schaden, glaube ich, dass es zweimal Herden eingesetzt hat. Oh, die Schlammwuppe hat das Spiel ein bisschen zum Längen gebracht. Das ist ein mächtiger Angriff. Da ging mein PC einfach in die Knie. Das war zu viel für ihn. Kopfnuss. Auch Motorpel? Muss das Ziel, äh, gezielt immer auswählen. Das ist ein bisschen nervig. Apropos nervig, haben wir es etwa mit einem Pokémon zu tun, das Schutzschild beherrscht. Oh, wie schön, dass es jedes Mal nur noch Schutzschild einsetzt. Das macht diesen Kampf so viel spaßiger, als es sonst der Fall wäre. Es erhöht den Spaßfaktor einfach ins Unermessliche. Aquarewelle. Macht's. Hervorragende Schaden. Vielleicht war Schaden von Trashy auch einfach nur schlecht. Aber hey, Trashy ist auf Level 14. Ryta Mark und Ryta Mark sind besiegt. Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir beide unterliegen zwei Kindern? Das wird so nicht. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Das erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galactic allen wohlgesonnen ist. So, eine Bande. Team Galactic haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke, aber diese mysteriöse Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, dass jener Kraft inne wohnt. Es möchte Scanners Energiequellen für irgendwas einsetzen. Er, probiermännlich, wusstest du, dass auch der Professor die Entwicklung von Pokémon studiert? Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit Entwicklungen zu tun haben. Wahrscheinlich wollen die Leute deshalb Professor Eibes Forschungsergebnis die gewaltsamen aneignen. Die Frau ist gebannt, entspannt euch. Dank euch konnte die Situation schärft werden. Vielen Dank. Bla, 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 bla. Ich möchte meinen Lob aussprechen. Ja, 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 ja. Ein Pokédex fühlt sich immer weiter. Wir sehen uns. Ich würde sagen, na, oh, es war klasse, bin ich gut, exzellent, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe etwas für dich, eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Der Modekoffer. Diesen Modekoffer findest du hin, reißte Accessoires und geschmackvolle Kulissen. Statt dein Pokémon mit den Accessoires und seh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeit zur Verfügung. So, dass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Kann aus dem tolle Preise gewinnen. Besuch unsere Sender einfach mal. Na, wir machen das vielleicht dann, wenn wir einen Pokémon haben, mit dem wir spazieren gehen können. Ansonsten werden wir sowieso nichts Cooles bekommen. Sagen wir es, wie es ist. Das ist, wie es ist. So, dann speichern wir mal eine Runde und dann würde ich fast sagen, wir sind fertig für heute. Keine Ahnung, wie lange das Video im Endeffekt geht. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, zu trainieren, wie euch wahrscheinlich unschwer aufgefallen ist, aber sollte passen. Dann speichere ich mal für die nächsten drei Stunden. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoch und Platin. Folge Nummer vier. Bisher schlagen wir uns noch ganz okay. Ich habe auch gerade mal den ersten Orden angeholt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen bis nächstes Mal und gute Nacht. Gleiches fertige Speichel. Pass auf. Gleiches ist es soweit. Und... Jede Sekunde. Yeah. Bis dann. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin in der Randomizer Nazdoch Challenge. Beim letzten Mal haben wir gegen Team Galactic gekämpft. Ich glaube, ich habe den Orden beim letzten Mal auch geholt. Wir haben ordentlich viel geschafft. Oh Gott. Huh. Du musst aufstoßen. Bezeihung. Und heute... Äh... Ich weiß nicht ganz, wo ich hingehen muss. Ich habe auf jeden Fall Zertrümmerer. Au, ich kann in dem... Ich kann in der Höhle da oben weiter. Yeah. Heute gehen wir in die Höhle da oben, denn da kann ich jetzt weiter. Habe ich hier rausgefunden. Und wir haben natürlich Staraptor beim letzten Mal gefangen, was... Ich muss den Ruf kurz, äh... geschehen lassen, ohne zu unterbrechen. Äh, ich habe Staraptor gefangen, was natürlich absolut hervorragend ist. Und wir sind auch dabei, Trashy zu trainieren, was absolut, äh... langwierig ist. Denn Trashy braucht zum einen relativ viele Erfahrungspunkte und ist zum anderen absurd schwach. Ich glaube, Trashy sollte noch keine 14 Angriff haben. Staraptor hat auf Level 9 bereits 30. Ah, verwüsteter Pfad. Hier haben wir auf jeden Fall auch schon was gefangen. Ich hätte übrigens auch nichts dagegen, wenn wir langsam, aber sicher irgendwann mal Schutz kaufen könnten. Bis Protokoll. Aber ich fürchte, das wird hier noch nicht, äh, mir noch nicht ganz gegönnt sein. Oh, jetzt ein Simsalat gegeben. Oh, das ist so cool. Das kann wahrscheinlich nur, äh, teleporten, aber Simsalat hat eine schlechte Verteidigung. Das heißt, vielleicht kann Trashy mit dem dreifach so hohen Level... Jetzt kann fast was erreichen. Und Simsalat ist weg. Also hier war es eigentlich ganz gut, dass wir das nicht als erstes Pokémon in der Höhle getroffen haben, denn... Bizarro Raum. Bizarro Raum war das, äh, ist der bizarre Raum, in dem niedrige Geschwindigkeit hoch ist und hohe Geschwindigkeit niedrig. Was? Was ist das für ein bizarrer Raum, in dem wir uns befinden? Oder? So. Bizarro Raum, oder? Wir werden es uns gleich anschauen. Nein, nicht Deckel! Du musst die Kupfnuss machen! Das macht halt so absurd wenig Damage. Ich meine, das ist ein Level 6-Pokon und Trashy ist auf Level 14. Es sollte mehr Schaden machen und die Normalangriffe sind Stab, okay? Das heißt, sie machen nochmal 50% mehr Damage, als weil sie vom gleichen Typ sind. Stab steht für Same-Type-Attack-Bonus. Fürs Protokoll. Fluchtzeit erhalten. Das ist tatsächlich ganz angenehm. Ich würde sagen, weil Trash hier uns, ich glaube, es war 50% mehr, wenn wir was die Zahlen angeht, nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Angriffe vom gleichen Typen, ja, wie das Pokémon, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. Und ich glaube, wenn... Ich weiß gar nicht, was die Zahlen sind. Was sind die Zahlen? Ich glaube, wenn der Angriff sehr effektiv ist, macht er nochmal doppelt so viel Schaden und Stab macht halt... Gut, jetzt waren wir da schon und Stab macht 50% mehr, das heißt, jetzt können wir da mit eine Menge rausholen. Wo ist meine Karte? Ist sie hier? Bei Basis-Items? Immer noch. Ich denke, die wäre im Poketch oder sowas. Okay, Route 204 haben wir bereits was gefangen und wir kubbeln es nicht auf Fluri. Das wird ein Highlight. Siehst du, verschiedene Art von Pokémon auf. Wenn du nur Pokémon als Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich gegen Pokémon, die gegenüber diesen Typen im Vorteil sind zu bestehen. Das ist absolut richtig. Das ist eine Lektion, an die ich mich in meinem ersten Run selbstverständlich nie gehalten habe. Was ist das für ein Trailer, der sich vom Duft der Blumen anlocken lässt? Oh ja, die Blumen. Mann, die haben mich angelocht. Das ist aber wirklich nicht nur in meinem allerersten Run von meiner ersten Edition, wo ich wirklich nur versucht habe, mich auf ein Pokémon zu konzentrieren. Das ist eine Sache, die natürlich nicht gut ging, wie wir alle wissen. Und seitdem habe ich hier mal mehrere Pokémon trainiert. Ich meine, ich bin mir sicher, oftmals waren es nur drei oder so, aber prinzipiell ist das gefährlich. Das hätte gefährlich aussehen können, Trashy, aber ich habe nicht geglaubt. Ich wusste, dass du diesen Kampf bestehen wirst. Trashy braucht wirklich dringende Erfahrungspunkte. Angriff plus eins. 14 Angriff. Ach ja, Staraptor. Das nenne ich einen Gegner. Ich würde sagen, es gibt nur einen geeigneten Gegner für dieses Staraptor. Sterni. Sterni ist der einzige Gegner, der in der Lage sein wird, mit einem Staraptor fertig zu werden. Bedrohe ihn! Sie! Verlieb dich nicht, Staraptor. Das ist wahrscheinlich der einzige Artgenosse, den wir von dir jemals antreffen werden. Aber das ist okay. Flüggenschlag. Ich mag die Flüggenschlag-Animation von Generation 4 nicht so sehr. Ich wollte sie sehr aus Generation 3, wo man einfach zwei Tornados auf den Gegner losgeschickt hat. Das war ziemlich cool, aber dann wiederum mag ich generell, glaube ich, die Angriffs-Animation aus der Generation 3 am meisten. Generation 2 werden auch ganz cool, aber das Gefühl, danach machte ich sie immer weniger. Das hat irgendwie dieses gewisse Etwas, das Minimalistische gefehlt. Das war ein starker Trainer, der sich vom Duft der Blumen anlocken ließ. Das bin ich, ich bin ein starker Trainer. Seegesang. Seegesang ist ein Item, über welches sich Lapras sehr freuen wird und es wird Lapras über Lebenswertigkeit enorm steigern. Da will wir mit Lapras jede Runde ein paar KP wiederherstellen. Haben wir sonst noch ein Item, was ich vielleicht... Mein Flinklau wäre ziemlich sinnlos für Trashy. Das ist alles so sinnlos für Trashy. Es ist schwer, Trashy irgendwas Gutes zu tun werden. Es hat auch so gut wie keine KP. Wie kannst du schon auf Level 15 sein, aber immer noch so schlecht? Ah, ist okay. Auf Level 20 ist es vorbei. Dann wird er sich weiterentwickeln. Hey, lass mich dir mal in der Käfer-Pokémon zeigen. Ich wette, du hast nicht ein einziges Käfer-Pokémon. Ich sage, du versuchst nur nicht aufzuspielen, Jessica. Oh, ein Tusker. Das ist so eine Art Käfer-Pokémon. Ich meine, das ist grün. Das ist quasi ein Käfer an dem Punkt. Ich finde es übrigens schade, dass Tusker nicht irgendwie sowas wie, ich habe keine Ahnung, so den Effekt wie Rauhaut oder sowas hat, womit es den Gegner einfach Schaden zufügt, wenn er Nahkampf-Angriffe darauf macht. Ich hatte das Gefühl, das wäre ziemlich sinnig gewesen dafür, aber das weiß ich schon. Ähm, Kriegen die Medoquin werden, wenn er nicht auswechselt. Schauen wir uns den Seegesang doch direkt beim Einsatz an. Das wäre doch ein Vorschlag. Oh, wir können auch die Hydro-Pumpe direkt beim Einsatz sehen. Au, der Doppelkick. Oh, der tut weh. Er tut nicht so sehr weh, aber wenn er es nicht mehr wünschen würde. Hey, wo ist der Seegesang? Wahrscheinlich hätte ich es nicht einwechseln dürfen. Hydro-Pumpe! Natürlich geht Hydro-Pumpe daneben, ist eine Hydro-Pumpe. Oh, Routenschlag. Der Routenschlag könnte potenziell den Doppelkick der Hydro-Pumpe ist auch nicht mehr so cool von der Animation. Ich weiß auch nicht. Generation 3-Animationen, die sind cool und auch die Sound-Effekte davon. Wie viel regenerieren wir mit Seegesang? Ich glaube, ein 16. der KP oder so. Es sind 5. Äh, ja, ich werde das jetzt nicht ausrechnen. Lady Jessica, so kann ich die Vorzüge meiner Käfer-Pokémon dir zeigen oder so. 2 gegen 2, klar. Wir sind die stärkste unserer Klasse. Ich weiß nicht. Jeder sagt von sich aus immer, dass er der stärkste aus der Klasse ist, aber haben wir euch jemals in einem Kampf tatsächlich gemessen? Ich meine, das ist ein Farbige und ein Sonnenkern. Ich bin mir sicher, das Farbige kann nach wie vor nur nachahmen. Ihr seid sicher, dass ihr die stärkste aus der Klasse seid. Ich bin mir nicht sicher, dass ihr das nicht seid, ehrlich gesagt. Das Sonnenkern ist so schwach. Es ist gerade so, wie der andere von der Trash überleben kann. Das ist erbärmlich. Und Drachenwut dürfte Farbige direkt killen. Drachenwut so früh zu haben im Spiel ist halt wirklich hilfreich. Ich meine, sie wird, je weiter wir voranstreiten, immer weniger nützlich sein, aber ich denke, bis wir noch mit 30 sind oder so, sollte ich damit jedes Pokémon mit zwei Angriffen killen können. Mit maximal zwei. Das ist also wirklich in Ordnung, wenn ihr mich fragt. So, dann mach eine Kopfnuss und töte deinen Sonnenkern und Glut. Oh, das war Sonnenkern. Aber Sonnenkern war auch noch viel langsamer als alle. Das fällt mir gerade auf. Ich meine, was habe ich sonst erwartet? So und Kim, Ma und Pa. Ah, oh, warte. Ich, ich warte nicht. Was haben wir hier alles Schönes? Wir haben einen Pokéball. Mächtiger Angriff. Mächtiger Angriff, dessen Term ich mir aufheben werde, falls wir einen Käferpokon bekommen, ehrlich gesagt. Ich kann aber nicht alle TMs einfach so verbraten, auch wenn es natürlich wirklich gut wäre. Seht ihr, wenn wir einen Illumisee hätten, dem ich wollte Schere beibringen, sofern ich das lernen kann. Kopfnuss. Dann meine ich über die TMs aus dem Randomizer, weil ich immer ein bisschen seltsam sind, weil es wurde nicht geändert. Pass auf, sagen wir, die TMs, die ich gefunden habe, ist ursprünglicherweise Silberblick, okay? Und dann kann die TM alle Pokémon lernen, die die TM Silberblick lernen könnten, auch wenn es sich dabei um zum Beispiel Kreuzschere handelt. Und das macht die Kompatibilität etwas verzwickt und es auf gut Glück hoffen. Und dann habe ich auch hinzugefügt, dass wenn es sich dabei nun angefandelt, wenn es Pokémon auch so lernen könnte, dann kann es die TM auch lernen, wie im Falle von Labros zum Beispiel mit der Hydro-Pumpe. Versteht ihr? Das ist nicht kompliziert. Das ist ganz simpel. Das ist ein einfaches Konzept. Ich habe doch nie die TMs im Randomizer gehabt, oder was? Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft, die KP-Mais-Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, als wäre es für uns gewesen, aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Bäre gegessen, die es getragen hat. Puh! Puh! Warte, waren die nicht irgendwo Bären, die ich vergessen habe, mitzunehmen? Ich habe irgendwo auf einer anderen Seite von einem Flussdorf in der letzten Folge oder so Bären gesehen, die konnte ich nicht mitnehmen. Oh, das war, okay, das war da, wo wir Staraptor gefangen haben. Ich konnte sie nicht mitnehmen, weil ich damit ein Rad hoch müsste. Okay, alles gut. Seit derzeit gibt es die Eigenpässe bei der Stromversorgung. Gibt es Probleme mit dem Windkraftwerk? Ich hoffe doch nicht! Zu Pokémon bei dir ist es selbst für ein Kind wie dich sicher, wenn du alleine reist. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es für mich sicher. Willkommen Flory, dem Ort der Blumen, Blumen und Blumen. Du sollst auch ein paar Blumenzwiebeln pflanzen. Es leben die Blumen. Blumen! Ich wollte in den Augen von Flory ein paar Blumen pflücken, aber dann kamen ein paar Typen von Team Galactic und in schicken Uniformen. Das Typ von Team Galactic sind zu den Augen hinter diesem Blumenfeld hier gegangen. Waren ihre Uniform wirklich so schick, wie man sich erzählt? Während die du pflückst, kannst du ein Pokémon verfüttern. Du kannst sie außerdem beim Blumenhändler gegen Accessoires eintauschen. Mit diesen Accessoires wiederum kannst du eine Pokémon ausstatten. Ah, ich würde gerne eine Amrena-Bäre pflücken. Der Boden ist wieder weich. Warum heißt es nicht mehr, der Boden ist wieder weich und lehmig? Eine Sine-Bäre. Der Boden ist wieder weich. Ich weiß, was wurde aus weich und lehmig? Was stimmt mit dem lehmigen Boden nicht? Flori war einst ein öder, verlorener Hügel, den selbst Pokémon mieten. Der Einblick machte die Menschen traurig und so pflanzten sie Blumen an, aber nichts wollte hier wachsen. Niemand wusste Rat. Und dann, eines Tages, sagte jemand der Natur Danke für ihre Gaben und der Hügel strahlt an einer Blütenpracht. Das ist eine super dumme Legende, die ihr hier habt. Ein Tag im Leben eines Trainers. Die Sendung gibt interessante Einblicke in das tägliche Leben eines Trainers. Wir behandeln dabei eine Vielfalt von Themen, die Trainer betreffen und auch bewegen. Dann sehen wir uns mal einen Aspekt des Alltags eines Trainers an. Das war das Ende. Hier kommt die neue Folge von Sinus Einkaufskönige. Unser heutiger Einkäufer ist M.O.P. Männlich hat sich für das Item Pokéball entschieden. Erworbene Stückzahl 15. M.O.P. Männlich hat richtig Ahnung vom Einkaufen. Einfach toll. Seht euch das mal an. Seht doch, wie fix sich seine Finger bewegen. Was? Wie schnell Männlich einzelne Packungen der Pokébälle greift. Fast so, als wolle er den kompletten Pokéball bestand den ganzen Sinn und mit seinen magischen Fängern aufkaufen. Was? Das stärkt echt Entschlossenheit dahinter. Verstehe M.O.P. Männlich verdient sicherlich Anerkennung. Liebe Zuschauer, hoffentlich fühlt ihr euch durch das Einkaufsein von M.O.P. Männlich nicht ertappt bis in Kürze. Was ist dieses Fernsehprogramm aus diesem Spiel? Finde ich nicht, wenn Pokémon Bären pflücken? Bezaubernd. Ja, finde ich auch. Hier hast du eine TM. Sie enthält die Attacke Pflücker. Das ist, finde ich, noch viel niedlicher, ehrlich gesagt. Was für eine TM haben wir bekommen? Megasauger. Megasauger macht auch noch 40 Schaden. Ich meine, das ist kein so guter Angriff. Ich schätze, können wir Gluta einfach beibringen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich würde Gluta für wegpacken, hätte ich gesagt. Ich meine, Gluta-Spezialangriff ist eh ziemlich am Boden und wenn wir dann einen Spezialangriff einsetzen, der nicht immer ein Stab ist, wird das nicht gut für uns ausgehen. Sagt dir die Blumenart Grazidea was? Man verschenkt sie als Strauß, um jemandem gegenüber seinen Dank auszudrücken. Das ist eine fortwährende Tradition in dieser Gegend. So, so. Sehr traditionsreich, diese Florianer, wie mir scheint. Trainer, bitte pflege Bären, indem du ihnen mit der Ente und Kanne Wasser gibst. Dankeschön. Okay, ich möchte die weil man Kanne auch mehr. Hallo, wir tauschen deine Bären, die Accessoires ein. Hm, Rotblume, Pinkblume, Schwarzbrille hätte ich gerne, aber dafür bräuchte ich eine Persim-Bäre. Aus einer einzigen Bäre wächst eine Pflanze, die mehrere Bären trägt. Pflanzt du, äh, pflanzt du an verschiedenen Orten jeweils eine Bäre. Gibt es mehr und mehr Bären in der Welt. Ich hoffe, du hilfst dabei, dass mehr Bären auf der Welt wachsen. Persim-Bäre, dankeschön. Außer du lässt dir zu viel Zeit damit. Wenn du sie zu spät erntest, werden auch nicht mehr allzu viele Bären dran sein. Zumindest meine ich mich zu erinnern, dass das so war. Ich liebe es, einfach hier zu sein. Die Atmosphäre ist so wunderbar. Du bist auch hier, um deine Stimmung zu verbessern, nicht wahr? Yeah. Das finde ich ja wie Blumen tanzen. Ja, das ist ganz schick. Der süße Duft des Honigs hat mich hergeführt, aber ich frage dich und mich, bin ich ein Pokémon oder was? Hm, Honig. Okay. Sind wir von Team Galactic oder sind wir das nicht? Und doch müssen wir zwischen den Blumen herumstehen. Das ist kein bisschen cool. Hey, hör auf zu motzen. Das ist eine ehrbare Aufgabe, aber Käfer und Pflanzpokémon finde ich einfach nur gruselig. Deshalb wäre ich auch lieber woanders. Verstehe. Ich wäre auch lieber woanders. Irgendwo, wo es Honig gibt. Honig. Warum war das einfach nur ein Homer-Charakter? Waren wir hier schon? Im Garten von Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchstinn zu haben, zu dem den Duft von Honig aus weiter Ferne war. Ja, ich denke, wir werden einen Baum mit bisschen Honig beschmieren und schauen, dass wir dann in Flori ein Pokémon fangen können, aber vielmehr wird da wohl nicht drin sein im Zuge der Nassok-Challenge. Schutz. Schutz ist wichtig. Ich darf ein bisschen und ich denke, für das erste Geld kaufe ich noch Super-Trenke und ich habe kein Geld mehr. Ist das zu? Netzball und Heilball. Netzball müsste ich schon zwei Stück haben, aber gut zu wissen. Ein paar Spezialbälle sind immer relativ hilfreich. Ich bin dabei, wir haben noch ein bisschen lieber, aber wäre so hilfreich. Ich nehme nicht wirklich abends auf und ich glaube, es gibt nicht so viele Höhlen in dem Spiel. Beziehungsweise, die Höhlen sind alle der gleiche Berg. Was ist der Kesselberg oder sowas? Irgendwie der Berg, das weiß ich schon mal. Wer bist du, Berg in der Mitte der Region? Kraterberg. Verzeihung. Der Kraterberg. erinnert irgendwie gefühlt alle Höhlenruten ein. Versteck mich hinterm Baum, bitte. Sprich mich nicht an. Hilf mir, Trainer, bitte. Ich möchte zu meinem Papa. Mein Papa und ich lebe im Windkraftwerk. Warum? Warum lebt ihr im Windkraftwerk? Plötzlich kamen da so Leute, die angezogen waren wie Raumfahrer. Sie haben mich aus dem Kraftwerk gescheut und zwingen meinen Papa, irgendwas zu tun. Bitte, Trainer, ich will zu meinem Papa. Okay, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Erstmal würde ich gerne den Pokéball an mich nehmen. X-Angriff, das könnte noch hilfreich werden. Und dann, ja, schauen wir, was wir hier finden. Bevor wir dem kleinen Mädchen tatsächlich helfen wollen. Griffel. Griffel zu Ambi-Diffel zu entwickeln ist ein bisschen nervig. Das muss dafür den Doppelschlag lernen. Lernt das Doppelschlag auf einem gewissen Level? Da war es so eine Situation, wo man eben, dass er den Angriff per Herz beibringen muss. So war nicht die Weiterentwicklung von Eiding-Poke und Jinnation 4 geregelt, dass man ihn einfach per Herz schuppen den Angriff beibringen muss. Einen, den sie wohl irgendwann mal hätten lernen sollen und nicht gelernt haben. Wenn sie ihn ja gelernt haben, dann entwickeln sie sich. Ich werde es mal nachschlagen. Je nachdem, wie es ist, könnten wir nämlich Griffel dann vielleicht auch schauen, wie es weiterentwickeln. Was, denke ich, ganz cool wäre. Aber wenn die Weiterentwicklung hinter der... Okay, was soll das? Ich werde dich weiter schwächen. Wenn die Weiterentwicklung hinter der Herzlupe steckt, ist das Ganze natürlich etwas kritisch. Tackle! Okay, weiter kann ich dich echt nicht schwächen, denn wenn wir jetzt weitergehen, habe ich das Gefühl, dass irgendwas schief gehen wird. Ich kann auch einen Premierball auf dich werfen, wenn du es willst, der Griffel. Wenn du lieber eine ganz besondere Ball... Okay, du bist eine besondere Wahrnehmung. Was ist das für eine Fangquote? Das ist ein dummes Griffel. Bleib doch in dem Ball drin. So schwer kann es doch nicht sein. Ball. Das ist ein Timerball. Wir haben nicht mal... Dein Superball. Den hat Trashy gefunden. Ich hoffe, du weißt, dieses Geschenk von Trashy höchstpersönlich zu sch... Okay, was? Was soll das? Warum bleibt das Griffe nicht im Ball? Komm schon. Ja. Ja. Deswegen auch hoffen, dass du im Pokéball bleibst. mein Gott. Das wollte er einfach nicht. Lebt in den Baumwipfeln, kann seinen Schweif genauso gut wie seine Hände verwenden. Sind wir uns sicher, dass es Hände hat? Ich sehe nämlich nur eine Hand auf diesem Sprite. Und die befindet sich da unten. Das andere sind eher Arme, die einfach in Stummen enden. Wir hatten natürlich auch irgendwann mal ein Ambi-Diffel. Ich erinnere mich an den Namen. Es ist ähnlich wie der Pirat aus Spongebob. Es ist Patschi, der Pirat. Haha, Patschi. Ja, die Erinnerungen kommen zurück. Ich werde mal schon nachschauen, wie es mit der Entwicklung von Griffel aussieht. Es lernt Doppelschlag auf Level 35. Ähm. Ich denke, das ist ein bisschen sehr spät. Und der Griffel selber wird leider echt nicht so hilfreich sein. Wir werden es aber im Hinterkopf behalten. Für den Fall der Fälle können wir später auf jeden Fall mal weiterentwickeln. Wenn wir irgendwann Level 32 relativ schnell erreichen können. Wo bekommt eigentlich EP-Teiler her in diesem Spiel? Hm, vielleicht sogar nach dem Kraftwerk. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo werden wir ihn bekommen. Ich meine es übrigens überhaupt nicht, wie der EP-Teiler seit Generation 6 geregelt ist, dass die EP einfach über alle Poké aus dem gesamten Team verteilt werden. Das machte ich auch schon Generation 1 nicht. Ich denke, es ist okay, dass das existiert, aber ich habe das Gefühl, das sollte den klassischen EP-Teiler nicht ausschließen. Ich denke, der Teiler, mit dem es über das ganze Team verteilt wird und wo es nur für einen Pokémon ist, die können ganz gut koexistieren, ehrlich gesagt. Also es bloß, nicht in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galaktik gehört, der Zutritt verboten ist. Aber du siehst mir so aus, als würdest du es auch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns um den Zutritt kämpfen. Dann kämpfen wir um den Zutritt, mein Freund. Rytamard. Ein Haspi-Rohr. Das ist ein sehr beängstigtes Pokémon, das hier der Hub-Team Galaktik. Kopfnuss! Es ist so beängstigt, dass es sogar von Trashy auf die Schnauze bekommt. Das ist traurig. Frustration. Das hat so nicht viel Schaden gemacht. Frustration war der Angriff, der mehr Schaden macht, wenn man geschweckt. Nein, das war auch Trash-Fleger. Ich glaube, Frustration macht mehr Schaden, je weniger das Pokémon einen mag. Was sehr seltsam ist, denn es gibt nicht wirklich einen Weg, wenn man die Zuneigung von dem Pokémon senken kann. Ich meine, man könnte ihm wahrscheinlich die ganze Zeit bittere Medizin geben, man müsste die ganze Zeit Kämpfe verlieren, damit es einen weniger mag. Das sind dummer Angriffe, will ich einfach nur sagen. Ja, wenn das nicht großartig ist, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Dann gibt es noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Ha, ha, ha. Und so werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Ha, grubs Klink. Ist von innen abgeschlossen. Er hat sich einfach eingesperrt. Okay, das geht zu weit. Das geht eindeutig zu weit. Verzeih, kleines Mädchen, ich muss noch die Bösen aufhalten. Danach komme ich wieder zurück. Dann schauen wir mal ins Blumenfeld. Was muss man hier auf dem Blumenfeld? Also ernsthaft. Ist ja irgendwas von Belangen? Ich habe nicht das Gefühl, die Antwort ist nein. Es gibt einen Honigbaum. Vielleicht wollen sie da noch mit dem Honig irgendwie die Pokémon weiterentwickeln oder so. Damit die Macht der Entwicklung zu ihrem Vorteil ausnutzen. Ich weiß es nicht. Gehen wir rein. Auen von Flory sind ein eigenes Gebiet. Genug der Worte. Gib den süßen Honig. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Hey, das Kind hat alles gesehen, was machen wir nun? Es fehlt doch, dass das Kind los hat und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Spike seinen Mund hält. Es ist Zeit für einen intergalaktischen Kampf. Oh oh, dieses Pokémon wird nicht allzu viel gegen eine gesalzene Aquaville auf Lager haben. Ich wollte Hydro Pumpe machen, aber Aquaville erfüllt seinen Zweck genauso. Polteros sollte nämlich auch so gut wie keine Spezialverteidigung haben. Verhöhntst du mich gerade? Okay. Das geht zu weit. Aquaville. Wer verhöhnt jetzt wen? Aquaville übrigens auch eine andere furchtige Nation 3 Invention Mehrmark. Und ich lag falsch. Die Spezialverteidigung ist hoch genug, um der Aquaville Stand zu halten. Dann wäre ein bisschen speziell Angriff von der Sitzbank auch nicht so hoch. ich bin da noch. Wer weiß nicht. Noch ein paar gemischte Gefühle diesbezüglich und schon ist okay Segesang halt immer einen gewissen Teil von den KP die man verloren hat auch. Okay bitte Schnüffler nicht lernen. Trashy ist tatsächlich begeisterter Klebstoff Schnüffler. Er muss deswegen schon öfter zum Büro des Rektors. Das ist der Grund warum ich immer ein Rüpel sein werde. Yeah. Mann ist das Laben. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ich höre das nächste dran. Dir zu kämpfen nachdem du geschwächt wurdest finde ich äußerst reizvoll. Oh ja ich jetzt ein Barblut. Ihr werdet die Welt noch sowas von erobern Team Galactic da ist das fühlig. Und Seidia Trashy ist auf einem guten Weg sein Level 20 zu erreichen aktuell. Und sein Angriff ist manchmal fast so ähnliches wie okay. Aber hauptsächlich nicht. Ein Aquana. Das müsste hauptsächlich ein spezieller Tank sein. mich alles täuscht. Ist okay. Aquana sollte aber gute Erfahrungspunkte geben. Kopfnuss. Aquana mochte ich immer mit Abstand am wenigsten. Ich meine Zwischenfächer Aquana okay. Denke ich. Aber für die längste Zeit mochte ich Aquana mit Abstand am wenigsten von allen Evoli Entwicklungen. Ist mehr ein Fisch als kleiner Fuchs. Weiß auch nicht. Kopfnuss. Mach nicht Sandwirbel. Auch guten Schlag. Ich das Gefühl Aquana kann noch nicht ganz Angriffe die irgendwas bringen. Trashy? Ich will ehrlich sein. Das war ein hervorragender Kampf soweit. Ich möchte eine Beförderung, um etwas zähere Pokémon zu bekommen. Was zäher ist als ein Wablu? Komm schon. Diese Rotzler ist stark, sogar mehr als so stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Das war sie für uns. Lass uns zurück zur Windkraft weggehen. Ist das etwa der Schlüssel? Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen vergessen haben. Das war noch viel seltsamer. Oh, ich muss dich bei mir bedanken. Bitte nimm etwas von diesem süßen, süßen Honig. Nimm gleich ganz viel. Honig erhalten. Ist Honig eine Sache? Wenn du Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst damit vielleicht Pokémon an. John hat ein Video gemacht über Dinge, die nicht wirklich Mehrzahl haben, wie Milch oder so. Honig ist scheinbar eine Sache. Warum würde man das jemals sagen? Die Blumen, auf den Feldern hier heran wachsen, ist etwas ganz besonderes. Oder hast du sonst in der Region ähnlich lebendige Blumen gesehen? Bedank dafür gebührt all den Pokémon. Ja, okay. Schmier Honig auf die Rinder eines Baumes und seh nach einiger Zeit nach, ob der Baum sich bewegt. Wenn dem so ist, kannst du davon ausgehen, dass es bekommt man ich glaube nur den Honig Bäumen. Ich meine, hier gibt es Sinn, ist das das Bienenstock Pokémon. Und weiblich sind sie mit Wahrscheinlichkeit von 12,5% und die Männlichen können sich nicht weiterentwickeln. Oh Gott. Wie ist eigentlich, wenn man ein Vatribi züchten will, wenn man eins für Online- Kämpfe haben will? Oh Gott. Das muss frustrierend sein. Wenn wir den Schlüssel rups klingt, die Tür zum Windkraftwerk ist was? Das kann gar nicht sein durch den Schlüssel. Aber dann habe ich die Tür ganz umsonst verschlossen. Jetzt stehe ich wie ein totaler Verlierer, dabei keine Zeit für Selbstbegleid. Ich muss den Commander Bescheid geben. So, so, dem Commander also. Das Lied hier gibt mir gewisse Pokémon XD Vibes aus irgendwelchen Gründen. Oh, das macht doch keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sage ich dir. Okay. Wenn es um richtige Arbeit geht, würde ich gerne sagen, dass ich für heute mich ausklinken werde. Darüber macht man keine Witze. Ein Goldini. Trashy, würdest du in der Lage sein, einen Goldfisch zu besiegen? Es ist mehr als ein Drittel an Schaden. Das ist ordentliche Arbeit, Trashy. Jetzt das Ganze nochmal. Oh, eine Attacke. Au. Trashy nimmt halt auch echt viel Schaden, aber Trashy dürfte Level 18 erreicht haben. Das heißt, wir sind noch zwei Level davon entfernt, aus Trashy irgendwas Brauchbares zu machen. Was? Ein Rotzlöffel hat mir die Arbeit vermasselt? Der größte Rotzlöffel von allen, mein Freund. Team Galaktik benötigt Elektrizität für irgendetwas Großes. Ah, Strom also. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Was heißt eigentlich mit den Energien hier? Ist das eine gewisse so ein beiläufiger Plotwistle im Spiel oder Lore technisch, dass ich zuerst Kohle abgebaut habe, beziehungsweise meine Stadt dafür war, jetzt bei dem Windkraftwerk. Wahrscheinlich ist es zu voll bei Überlegungen. Na, wir werden sehen. Aquabetter. Ob wir noch mehr irgendwelche Treibstoffe auffinden werden im Laufe des Spiels. Aber ich weiß es wirklich nicht. Das Problem ist irgendwie die zweite Hälfte des Spiels. Da kann ich in meinem Kopf zwischen Pokémon Schwarz beziehungsweise zwischen der 5. und 4. Generation irgendwie nicht unterscheiden. Ich weiß auch nicht. Auf einem gewissen Punkt verschwimmt das beides irgendwie die Gebiete zumindest zu einem für mich. Es gibt aber auch gewisse Stellen die ähnlich sind. Wie zum Beispiel dass es den einen Minen Boss gibt. Beziehungsweise Minen Arena Leiter. Ich mag keine Kinder die auch noch starke Trainer sind. Magst du generell Kinder? Wenn sie schwache Trainer sind vielleicht. Ich bin einer der 3 Commander des Team Galactic. Moment das stimmt gar nicht einer der 4 Commander. Man nennt mich Mars. Wir werden eine neue Welt schaffen. Eine Welt die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht oder? Das macht mich traurig. Kämpfen wir um zu sehen welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne verschwindest du hier. Gewinnst du werden wir Team Galactic hier verschwinden. Das klingt so weit nach einem Plan. Ich kann den Plan nicht ganz verstehen von euch ansonsten weil ihr ihr erzählt Ampharos Ich denke Ampharos ist eine gute Gelegenheit den guten Gluta den guten Gluten mal wieder in den Kampf zu schicken denn Gluta ist nicht nur irgendwer er ist ein guter Das war ein bisschen nervtötend muss ich ehrlich gestehen Aber okay Sachen gut Der Heuler wird nicht allzu viel Einfluss haben schon Yes Ich Glaube nicht an die Wirkung der Paralyse Ich glaube du stellst damit bei einem Pokémon an Ne Ahnung Der Drache wütet wütend Und nochmal Drache Wut Yes Und das wäre soweit Ampharos Ich hoffe das reicht für Leather für Trashy Nein nicht ganz aber sind ein paar Formspunkte Ist rechter für Gluta Wie viele Punkte bekommst du dazu Sieht okay aus Kein Oberhammer aber durchaus okay Und ein Knacks Level 17 Jetzt haben wir ein Problem Das war gut Dieser Move war Gold wert Nicht 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 Grund Kanone genannt Okay Sitzbank los geht's Ich versuche eine Hydro Pumpe ehrlich gesagt Oh Oh sie schnell als Labras das ist nicht gut Aber mit Seegesang könnte ich eventuell noch eine Drachenwut überleben Yes Hydro Pumpe trifft Schon Yes Auch wenn wir jemanden verloren haben war das dennoch ein Sieg für das Team 2 KP Ich glaube es war random mit Seegesangen Hyde Seegesangen war irgendwie seltsam Asylum Preschooler Christine Unfassbar ich hab verloren Du machst doch wohl Witze Hups Ich hab ordentlich missgebaut aber das macht dann gar nichts Ich hab den Kampf genossen Gesundheit Das ist aber schade gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich Nun da kann ich nichts machen wir haben genug Energie zusammen Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns Tür und Tor offen Mir Sharon kommt da kein Zweifel Immer dann kennt selbst der Boss mein Genie an Mars wir und Pokémon sammeln sammeln müssen Damit wollen sie ein neues Universum aufbauen Wir wollen ein Universum aufbauen Wir brauchen auch ein bisschen Strom dafür Hat jemand ein paar Tesla Akku Packs in seinem Rucksack die wir voll machen können und dann gehen wir los Das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben Aber ich kann dir gar nicht genug für meine Rettung danken Endlich sehe ich meine kleine Tochter meinen Sonnenschein wieder Oh da ist sie ja schon der kleine Sonnenschein Oh Papa Oh Tut mir leid Ich muss dir ohne Unterbrechung für sie arbeiten Danke Trainer Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt Nun kommt das Ballonpop man bestimmt wieder Jeden Freitag kommt es wieder Und das Halt dich vor dem Ballon Pokémon fern kleines Mädchen Versprich mir dass es dich vor dem Ballon Pokémon fern hält Ah ja du bist es Ja richtig du bist es Ich hab gehört Team Galactic sei in diesem Kraftwerk aufgetaucht Team Galactic hast du von ihnen schon gehört Aber natürlich wir kennen uns ja also wo ist dieses Schau nicht ich hab das gesamte Gebäude durchsucht Auch im Gebäude findet sich dieses ominöse Team Galactic nicht Du hast dir also aus Versehen übersehen oder irgendein anderes Team verjagt So etwas schafft nur ein Trainer etwas jung aber durchaus als Trainer zu erkennen Ich werde nun meine Aufgabe als ich mag dass seine zwei Szenarien was passiert ist waren dass ich Team Galactic entweder übersehen habe oder dass ich ein anderes Team verjagt habe Muss wohl ein anderes böses Team sein Ich glaube Team Aqua Ich glaube du hast Team Aqua verjagt nicht Team Galactic Also was komplett anderes Die wollen das Wasser fluten oder die Welt fluten oder So sollten wir vielleicht auch morgen überhalten Aber erst Timeline Technisch müsste Generation 4 ein kleines bisschen nach Generation 3 spielen tatsächlich Es gibt eine gewisse Timeline die sich durch die Spiele zieht Aber freuen mich nicht genauer wie diese aussieht Windkraftwerk Route 205 Okay Ich glaube ich will noch ein paar Poke Wälle kaufen Und mir ist übrigens nicht entgangen wie unfassbar knapp der Kampf gegen Mars war fürs Protokoll Es haben nur viele Dialoge danach Aber ich hatte ein bisschen Ich würde sagen mein Gesäß war ein bisschen aufgrund da ist für kurze Zeit Aber ich denke ich habe das ganz souverän noch gemeistert Wir müssen Kanonen noch beerdigen Ich habe Kanonen ja noch dabei Das fängt doch an zu stinken Das muss direkt fachgerecht entsorgt werden Ich würde wirklich gern Trauer für Kanonen empfinden Verstehe mich da nicht falsch Aber es ist nun mal wie es ist und Kanonen der Pelos den Rahmen zu editieren und Griffe rein zu packen Ich will es über auf Heben und Kanonen war von Anfang an nur da um Kanonifutter zu sein Ich habe mir das so nicht ausgesucht das einfach wie das Leben manchmal spielt Dann würde ich sagen fangen wir noch ein Pokémon fangen wir noch ein Pokémon fangen wir noch ein Pokémon Oh der Imperator der Imperator Oh ich will Imperator Kopfnuss das war abzunehmen dass sie so viel Schaden macht Fangquote von Imperator sollte auch relativ mies sein aber Imperator ist natürlich ein Wasser Pokémon das heißt der Netzball sollte sich okay machen Akzeptabel Geschwächt Kratzer Oh mein Gott der macht so viel Schaden Zeit für den Rückzug und Gluter Gluter sollte erstmal ein paar Angriffe austanken können da ist wieder die Raserei Ich habe es immer so aufgefasst das ist wie Zornklinge so bin ich immer aufgefasst deswegen das wird jeder Runde wo man uns einsetzt was doppelt so wie Schaden macht aber ich glaube Raserei wird nur ein bisschen stärker oder so ich weiß auch nicht das war ein effizienter Netzball und wir haben eine Pergator zweites Wasser Pokemon aber das ist okay Groß Maul eigentlich bewegt er sich langsam doch seine Beute greift das blitz schnell an Impergator ist natürlich benannt nach einem klassischen Spielzeug der Krokodok Krokodok Spiel das Spiel mit dem Krokodil der Krokodok Krokodok ich liebe den Ruf von Impergator können wir nochmal hören MUTE KAST Niederlagen das ist gut ich glaube es sollte Nahkampf sein soweit Kratzer Silberblick Aquaknarre Raserei Ja ja ich bin sehr zufrieden mit Krokodok ich verfolge trotzdem noch das Ziel das wir Trashy erst noch entwickeln wollen aber Impergator dabei zu haben ziemlich cool das ist kein Gegner für Trashy warum ist du Kario eigentlich vom Typ Stahl also ernsthaft das habe ich nie ganz verstanden ich dachte immer ich meine nein warum vielleicht ist das auch irgendwie ist wahrscheinlich ein Übersetzungs Ding oder so dass es irgendwie Sinn ergibt aber ich denke es sollte einfach nur für Typ Kampf sein oder so sehr seltsam was die Begründung dafür ist weil es ein harter Kämpfer ist wahrscheinlich irgendwie sowas in der Richtung und Aquavelle aber ich weigere mich meinen gleichen Lucario Smalltalk wie jedes Mal zu führen deswegen sagen wir einfach geh mir aus den Augen Furry Pokemon ja das ist mal abwechslungsreicher Lucario Smalltalk wenn ihr mich fragt hier ins Pokemon setter und wisst ihr was ich gerade sehe die Aufnahme läuft auf die 45 Minuten zu das bedeutet wir sind soweit fertig für heute die Stunde ist vorbei jetzt ist Mathe zum einen zum anderen trennen ich werde die folge beenden wir machen beim nächsten mal weiter und dann ist ein guter Punkt hier für nachdem wir das Kraftwerk und sowas gemacht haben und ja wie das Ganze weitergeht was der Krokodok noch für bizarre Abenteuer erleben wird sehen wir beim nächsten mal äh bis zum nächsten mal und tschüss hallo willkommen zurück pokémon platinum version in der randomizer nasoc challenge beim letzten mal haben wir es mit dem drachenwut knacksel zu tun gehabt bei mars und das war ein bisschen kritisch aber ich habe es überstanden indem ich Kanoni geopfert habe in meinem herzen müsst ihr weiterleben Kanoni dieses Opfer hat uns alle gerettet Kanoni wurde geboren um die Granate zu sehen und zu sagen nein irgendjemand nein was machen wir und dann sprintet es los und stürzt sich mit seinem ganzen Körper auf die Granate welche explodiert die Eingeweide von Kanoni über sämtliche Wände verteilt seine Leber ist auf meiner Schulter gelandet es war ziemlich widerlich es hat auch gestunken aber dafür hat es uns gerettet und das ist wichtiger als alles andere Kanoni ist ein Held gewesen jetzt ist es tot und das war Morgebaum das ist übrigens kein Held das ist einfach nur tot 5 KP aufgeheilt das ist ok komm schon trashy Breeder Lawrence ich fühle mich ganz schön demotiviert oh sehen wir was Neues ich mir gar nicht vorstelle mich demotiviert zu fühlen in meinem Leben es wäre echt unangenehm ok alter man mittelalter man nicht mittelalter im sinne vom mittelalter sondern mit meinem mittleren alters es gibt zwar keinen berg hier aber ich bin zu bergwann bereit und los es gibt ne menge berg in der sinno region habe ich das Gefühl analyst an analyst pensy wirst du mit kributag fertig kributag muss relativ hohe verteidung haben er ist gerade mal auf level 10 ja doch das noch kommt schon also was er hat dann ist eigentlich wirklich okay soweit das bedeutet nämlich dass es trashy nicht angreift und trashy profitiert von jedem gegner der es nicht angreift ich mag diese zwei mini scheren da unten nicht die kributag hat kributag ist generell irgendwie das objektiv schlechtere kingler es ist einfach so ist keine ansicht sache ist einfach nur ein Fakt okay trashy nicht mal bald togekiss togep p entwicklungsreit mich immer verwirrt so erst mit togep und dann wird so getickt was irgendwie einfach nur aussieht so ob sie togep ich weiß auch nicht leuchtet ist himmelsfähiger himmelsfähiger ja ist auch nicht so stark auf jeden fall die erste form togep sieht okay aus ist ein ei pokémon wir haben ein Ei und was schlipft wohl aus oh das pokémon sieht immer noch aus wie ein Ei obwohl es zu toge tickt sieht einfach aus als ob man einfach den eier körper beibehalten hat und dann nur überall die gliedmassen verlängert hat die rauskommen das fand ich sehr seltsam immer und zu guter letzt bekamen 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 togekiss was ein flugzeug ist warum ist togekiss ein flugzeug alles sollte für ein trashy level abreichen zurück sehen wir leveltechnisch noch gute stücke mit den trainern auch wenn ich in letzter zeit das training von allen puppen und die nicht gerade trashy sind deutlich vernachlässigt habe aber wir machen das gerade für das größere gut das war ein langer Ruf scheinen warum gibt es so wenige erfahrungspunkte ach das war der frisch nach kampf so frisch fand ich den nicht ehrlich gesagt Klettorn das war Klettorn nochmal das war irgendein dummes Item dieses Item tragen Scheid dem Träger in jeder Runde und eventuell dem Gegner wenn er den Träger berührt das würde ich ja echt gerne verwenden ich will jetzt noch gerne ins Pokémon Center oder wir kämpfen spontan ich nehme Pokémon die süßig riechen so wie dieses riech doch mal nein ich will nicht an Pokémon riechen Juggler Forest es riecht nach Mondgestein okay Trashy Rückzug das ist auf einem hohen Level das ist ein Typ Gestein wir setzen Blute ein an sich wäre der Lapras natürlich die Überlegung wert aber das Problem ist das Problem ist dass Lunastein Steinwurf von sowas könnte ich weiß nicht wie es dadurch dass Level 14 schadenstechnisch damit aussieht machen wir Megasauger haben wir bisher noch gar nicht eingesetzt es sieht so cool aus aber ist leider wirklich schwach das war wirklich okayer Schaden soweit schauen wir nochmal nein Hypnose mein Pokémon konnte nur Gesang aber ich sehe schon Lunastein ist was besseres das kann Hypnose Steinwurf seht ihr genau da hatte ich Angst mit der Sitzbank beim Begator ist das Problem das generell vom Level her zu niedrig ist aber das habe ich nicht erwähnt weil ich denke das ich aus dem Kontext Megasauger gebt mir meine KP wieder zurück die habe ich mir verdient ja danke schön und das war Lunastein 225 reicht leider noch nicht ganz Level 20 hast verstanden was ich meine riecht mein Pokémon nicht gut ich will nicht an deinem dummen Pokémon riechen lass mich in Ruhe das ist nein nein habe gerade nochmal drüber nachgedacht was ich davon halten soll dass sie mir Lunasteins Gesicht gehalten hat und gesagt hat riecht doch mal nein ich denke jetzt ist es an der Zeit die Mission zu beenden die wir angefangen haben die Mission namens Trashy und Morlord New Pokémon Snap Morlord ist das beste Pokémon aus diesem Spiel es hat die besten Pose und die besten Bilder und das ist ein Fakt so am Rande los Trashy ich meine den Sprite nicht so sehr ausgenutzt und für von Morlord ehrlich gesagt sieht immer ein bisschen unsauber aus es sieht aus als sehr viel weniger detailliert als die anderen das Shading und sowas ich weiß auch nicht seltsam Level 20 für Trashy hey Trashy entwickelt sich komm schon ist das ein Skunkapoo interessant denn Trashy wurde zu Skunkapoo ich meine das ist das ist eine Entwicklung von dem stinkenden Pokémon okay das ist das ist interessant lass ich mal kurz nachschauen wie sich Skunkapoo entwickelt auf Level 34 das gefällt mir nicht so sehr Gegengift das sind ich Ironie Gift und Unlecht Scheu sehr pedantisch ich meine der Angriff ist ein gutes Stück höher als davor mal schauen es kann auf jeden Fall noch kommen was ganz gut ist aber ich würde sagen es ist Zeit für Krokodok sich unter Beweis zu stellen Zeit für ein bisschen Krokodok Training wir werden auf jeden Fall Trashy noch beibehalten und ich bin mir sicher da wird noch irgendwas cooles draus oh der Kampf der Generation 2 Starter oh das ist der Kampf den ich sehen wollte der Aquaknarre ja die Glut haut nicht so rein Aquaknarre aus dem aus den Schläfen der Klage macht tatsächlich auch nicht so viel Schaden wahrscheinlich daran dass der Spezialangriff von Krokodok generell nicht das wahre ist was gibt es eigentlich an physischen Wasserangriff in Generation 4 wir haben auf jeden Fall Kaskade ich denke Nassschweif sollte es geben ich glaube sonst nicht unbedingt allzu viel aber ich bin mir relativ sicher dass Krokodok früher oder später Nassschweif lernen sollte es ist also ziemlich angenehm und wieviel Erfahrungspunkte braucht es für Level Ups nicht allzu viel im Vergleich zu Trash die was aus irgendwelchen Gründen unfassbar viel gebraucht hat und Angriff und Angriff 3 direkt das ist das ist doch ein Fest nehmen wir nur noch die Trainer mit wenn wir schon mal hier sind die Pfadfinder ist ein langer Weg zwischen Floki und Ewigenau also lass uns kämpfen du würdest also sagen man ist ewig unterwegs zwischen Floki und Ewigenau also das ist ähm erstens was ist das für ein Blick zweitens kein optimaler Gegner für Krokodok muss ich ehrlich gestehen ich glaube es ist Trashy Zeit ehrlich gesagt ansonsten haben alle ein gewisses Problem mit Zapdos natürlich fangen wir damit an wäre sonst auch zu wenig nervig fairweise muss man sagen es gibt nie einen Grund Donnerwelle nicht einzusetzen es hat Donnershock wie viel Schaden macht die Kopfnuss nicht wirklich ausreichend aber ich habe das Gefühl Trashy ist deutlich stärker geworden seit es sich zu Skunkapur entwickelt hat vielleicht lernt es hier sogar noch ein paar coole Angriffe ein paar Gift Angriffe vielleicht bisschen Unlicht und der übrigens hervorragende Job an der Front nicht zurück beziehungsweise nicht paralysiert zu sein Trashy Trashy ist richtig motiviert seit es seinen neuen Schreck den Körper geschenkt bekommen hat Ich wünschen Trashy würde bisschen lernen Ich denke Krokodok kann damit auch was anfangen Objektiv in jeder Hinsicht besser als Kratzer Trashy Trashy braucht immer noch so viel Erfahrungspunkte Das ist nicht gut Trashy ist auch auf Level 20 und nicht auf Level 11 wie Krokodok Das hätte etwas nervig werden können Ich denke Glut hätte es auch unter Kontrolle bringen können aber Eventuell könnte Zapdos Schnabel oder Flügel schlagen Keine Ahnung wie stark Level 14 Zapdos sein kann Level 14 Mildtank BISS Egel dich nicht ein jetzt wird gebissen Mach bitte keinen Walzer den Walzer wird stärker nachdem du einen Igler gemacht hast Milch Getränk Was ist euer liebstes Milch Getränk Mein liebstes Milch Getränk ist Milch Getränk Ich denke ich wechsle einfach direkt zu Gluta Das Gefühl sonst wird dieser Kampf einfach Jahre dauern wenn es sich doch die ganze Zeit auf halt Ja es eine Verteidigung und dann haltet sich auf Wie wärs mit einer geschmeidigen Drachenwut Der Drachenwut ist seine Verteidigung egal Ich sag's direkt wie es ist Eventuell könnte es reichen um den Kampf schon zu beenden Yes 300 Erfahrungspunkte und Level 14 für Krokodok Krokodok ist jetzt schon fast so hoch gelevelt wie Sterni Sterni und Krokodok müssen auf jeden Fall noch ein paar Level-Ups mitnehmen Analyst Donner Nach der Orientierung hab ich jetzt auch den Kampf verloren Gleichzeitige Orientierung und Kampf verlieren Das ist absolut demütig Ah ja Es gibt kein Halten Okay Was hast du für ein Pokémon Ein Slimorg Das ist ein schleimiges Pokémon Es sollte sehr tanky sein Was wenn wir Biss einsetzen Wie viel Schaden würde das machen Äh Aussetzer Okay Weißt du was Das ist mir zu blöd Ich wechsle direkt rüber zur Sitzbank und die gute alte Sitzbank wird man das Scheinwerferlicht auf dich richten und werden wir sehen wie du darauf reagierst Ich glaube es hat auch gleichzeitig sehr hohe Spezialverteidigung Slimorg ist in jeder Hinsicht ein etwas unangenehmer Gegner Ja das ist eine Oh sehr schön Spezialverteidigung sinkt Hey Hey Okay daneben Hydro-Pumpe Und die Hydro-Pumpe trifft Und Slymog wurde besiegt Ich bin sehr froh dass Sitzbank die Hydro-Pumpe hat Ich gebe auf du kämpfst auf einem anderen Niveau Yeah Feuerheiler Den werde ich auf jeden Fall irgendwann bestimmt einsetzen Ich glaube nicht dass ich den jemals einsetzen werde Ich weiß nicht Sollte ich ein bisschen spielen Ich weiß nicht zu spielen Ich würde es aktuell empfehlen ehrlich gesagt Anton mit Anton würde ich spielen ich würde ihm zuschauen ich würde es so lange anstrahlen bis es einfach umkippt und für drei Stunden bewusstlos ist weil der Druck ihm zu viel wird der Druck das beobachtet werden sieht sehr schief aus schau ich schau habe keinen begriff dafür nicht aber das ist wahrscheinlich falsch weil es nicht durch eine nase denke ich gemasse ist ein Angriff der in der Theorie bestimmt nett ist wenn man Initiative stark senkt aber in der Praxis setze ich ihn ehrlich gesagt nie ein deswegen sparen wir uns das an dem Punkt direkt Schutz ist wirklich sehr nützlich findest du dich auch setzt Schutz ein hält das schwache Pokémon fern aber das bedeutet auch dass du dann eher kein Pokémon fangen kannst sie ist müde aus ich denke sollst etwas ausruhen danke schön das wollte ich hören so was haben wir denn hier unten für ein Item herumliegen rote flöte halte nicht auf verbrennung und die kann ich ja unendlich oft einsetzen oder so eine rote gläserne flöte die ein Pokémon von Anziehung heilt oh mein Gott oh das könnte sehr hilfreich werden wir nehmen das noch mit das könnte unfassbar hilfreich werden dass wir ein Heilungsmittel gegen Anziehung haben ich hätte gern Pokémon das Anziehung einsetzen kann das hat sich in der Vergangenheit bereits mit Schlengly als eine sehr gute Taktik heraus gestellt Griffklaue Griffklaue ist das die Griffelklaue ein ein Alten zu tragen verlängert die Dauer von Klammergriff Wickel etc wenn man die Angriffe freiwillig einsetzen will ich frage mich welche Pokémon man in dieser Gegend findet es gibt den Pergato und Tornupto und der Lucario das heißt für die meisten Leute sollte wahrscheinlich was dabei sein und der Biss fehlt aktuell noch so ein gewisser wirklich brauchbarer Angriff von Kokodok das unterscheidet Kokodok zum aktuellen Zeitpunkt noch deutlich von Sterni denn Sterni kann mit seinem Flügelschlag eine Menge Zerstörung anrichten der Biss von Kokodok macht sich okay aber nicht so okay ehrlich gesagt da würde ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben wünschen ich denke am besten wäre es wenn ich einfach nass schweif lerne aber ich vermute dass er ein Angriff den man so gegen Level 35 lernt wenn ich einfach mal schätzen müsste ein Yu-Gong-Gong ähm setzen wir Gluter ein als ob Yu-Gong überhaupt einen Eis Angriff drauf hat jetzt wahrscheinlich Heule und Aquaknarre haben ich mein bisher habe ich eins richtig den zweiten Angriff werden wir wohl nicht mehr sehen denn oh Gott Gluter ist so langsam Gluter ist einfach langsamer als alle anderen Pokémon dafür ist die Verteidigung aber auch nicht so gut wie es langsam ist was als ob du auf Level 12 mehr als 40 KP hast es hat Ampelleuchte ok ok das ist der Angriff den ich nicht habe kommen sehen aber ich lag so weit richtig dass es scheinbar keinen Eisangriff auf Lager hat aber warum Ampelleuchte warum nicht Aurora Strahl ist das ein Fehler oder so sollte das eigentlich Aurora Strahl können aber wenn jemand dachte sich ja Ampelleuchte wird auf selben aus laufen haben sie es einfach so gelassen wenn jemand Lust hatte das zu fixen ich mein ergibt das Sinn dass es Ampelleuchte kann ich mein es kann bestimmt Ampelleuchte wegen einer Anlehnung an Aurora Strahl aber ich weiß ja nicht beim letzten Mal als wir es gesehen haben war ich Level 11 und jetzt bin ich Level 16 ich denke Krokodok wird auch sehr davon profitieren wenn wir irgendwann Surfer bekommen aber Surfer sollte auch noch ein bisschen dauern Surfer ist immer so ein guter Angriff ist die eine VM die man immer beibringen will ist einfach der Wasser Flammenwurf Eisstrahl Donnerblitz den man endlich oft einsetzen kann also die VM davon und Level 17 und das ist ziemlich gut ich denke ich gebe jetzt Level 18 hoch und dann werde ich darüber nachdenken wieder Sterne zu trainieren einmal Pokémon und dann bin ich auf den Weg Richtung Ewigenau weiter unterwegs oh das war hier hier geht es in den Wald der Ewigwald yeah den Schott können wir noch nicht nehmen im Ewigwald sind viele Gift Pokémon zu Hause aber ich habe kein Gegengift gekauft was mache ich denn jetzt nur gehe ich weiter oder doch lieber zurück so ein Riesbester wieder zurück das klingt nach sehr gefährlichen Situation hallo grün ha hallo mein Name ist Raisa und du bist oh du bist also MWP männlich es freut mich sehr dich kennenzulernen MWP darf darf ich um einen Gefallen bitten ich möchte durch den Wald gehen aber leider habe ich Angst ich habe gehört dass hier einige dunkle geschalten herumlaufen die sich Team Galaktik nennen ich denke wenn man nicht alleine geht ist man auf jeden Fall sicherer kann ich bitte mit dir gehen MWP entscheid sich mit Raisa zu gehen ich werde ein Pokémon stets in Topform halten sie hat auf jeden Fall immer meine Pokémon was ganz nett ist und hier können wir auch direkt gleich was fangen und wir haben Panzer Fossil sehr schön das heißt wir können Fossil Pokémon holen Panzer Fossil war aber leider nicht Coco Panzer Fossil war das andere okay wir haben ein Problem das Problem ist das Radikal ich will nämlich das Lusher King fangen ich glaube das Radikal wird sein Bestes geben das zu ruinieren das Tango das will ich nicht wirklich ja das ist einschlafen es schläft leider das nächste Runde ein ich bin sicher Radikal wird nochmal Verfolger machen oh nein nein naja dann versuchen wir Tango loszufangen schätze ich das wäre so cool gewesen Tango los streicht zurück und Radikal schläft ein das verschafft uns ein bisschen Zeit ähm superball ich weiß nicht Tango los brauchen wir aktuell leider auch nicht weil wir schon Pflanzen Puchmann im Team haben aber in Zukunft könnte es hilfreich sein so fäng ich sehr gefangen bekomme was ich aktuell für nicht als wahrscheinlich halte denn wenn es radikal aufwacht wird das Tango los tot sein aber bis es soweit ist werde ich ein paar Poké Bälle werfen äh ist das ein dunkler Ort hier bei der Wald ist ein bisschen dunkel denke ich nein nicht dunkel genug wie mir scheint äh ich habe halt auch echt nicht viel Zeit des Tango los zu fangen schon werfen wir ich will kein Netz mehr werfen never schwach sinn primär ball wie wärs mit primär ball wenn ich damit mal was fangen würde ja nein nein kein tang los radikal schläft immer noch tief und fest das ist gut ich mag es ist nur schlafen oder einsetzen kann irgendwie und wachstum was genau wachstum bezweckt weiß bisher aber noch niemand also in seinem Fall weil es keine anderen Angriffe macht radikal schläft wirklich lange aber ehrlich gesagt könnte es von mir aus langsam wieder aufwachen weil ich habe nicht das Gefühl dass ich in der Lage sein werde Tango los mit dem Pokéball zu fangen ich kann einfach nur wirklich langwierig zu sein ja es bleibt nicht mal fast drin Hyperzahn geht daneben so weit so gut dann nochmal wir werfen trotzdem weiter Pokébälle die kosten ja auch nichts runter B nicht mal ansatzweise geklappt und ich schätze es war Tango los ich habe eine Menge Bälle eingesetzt wir haben es versucht wir haben es versucht vielmehr kann ich dazu nicht sagen und welchen Eboli könnte ich es hier weiter entwickeln an dem moos bedeckten Stein das sind interessante Pokémon die es hier im Wald gibt hat trifft Zeppeli nicht irgendeine komische Fähigkeit dass wenn man mit einem Schlag hält das dann irgendwie nicht gut läuft oder so beziehungsweise dass man irgendwie Schaden nimmt wir werden sehen und das war trifft Zeppeli vielleicht kannst du nur so eine Fähigkeit haben weil da war ganz aufsichtlich keine Krokodok erreicht Level 18 Polgon 2 wandelt sich um in einen Psychotypen das ist keine gute Entscheidung das war das war wirklich keine gute Entscheidung ich meine es war nicht mehr Zufall wie funktioniert Umwandlung überhaupt kommen zufälligen Typen zugewiesen oder so wahrscheinlich aber keine Ahnung ich habe den Angriff vielleicht gesagt nie verwendet so und ihr beiden wollt auch gegen mich kämpfen du fragst was cool ist nein ich sage es trotzdem Käfer Pokémon wir befinden uns nur auf einem Gewalt Marsch Gewalt Marsch das klingt bedenklich ich glaube ich will mich nicht auf einem Gewalt Marsch befinden ehrlich gesagt Capoeira und ein Tarn Heel ich denke das Capoeira werden wir ziemlich schnell besiegen können hat Capoeira auch Bedroher yeah natürlich hat Capoeira Bedroher warum frage ich überhaupt also ob die Antwort auf die Frage jemals nein wäre Tiefschlag er macht okay Schaden Schlag sollte Capoeira direkt ausschalten richtig Capoeira will ich nicht leiden so am Rande ich weiß ein ziemlicher Hot Take an dem Punkt nachdem Leute Capoeira lieben Volley Check macht er nicht allzu viel Schaden X Spot Stahl ist mich so dumm von der Seite an Au okay Geil dafür wir stellen das Radikal an das soll immer nur rechts sein Oh der Hyperzahn und mein Bügelschlag reicht das für X-Bad Oh das X-Bad ist stark Also auch schon voll entwickelt an dem Punkt sollte man auch nicht unterschätzen und ein guter Hyperzahn von Radikal Radikal ist wirklich ein guter Kampfpartner hier 655 Das ist eine stolze Menge von Erfahrungspunkten Ja greift das Radikal an Das interessiert niemanden und ein Isto Ehrlich gesagt würde ich das mit dem Isto erstmal Radikal erledigen lassen denn ich weiß nicht was das eventuell kontern und Spiegel kämpfen kann und sowas deswegen würde ich das ich würde mein Glück gerne nicht herausfordern Ach wirklich es hat mich erwischt Okay wir sind uns also einig dass wir das Tarn hier loswerden wollen Okay ich würde sagen mit halber Angriffskraft muss ich isto und wo ing genau sind die beängstigsten pokémon dem man in der nasoc challenge begegnen kann vor allem kann man nicht mal auswechseln gegen wo ing genau zumindest weiß ich wie es so ist aber wenn es dann mal konter oder sowas einsetzt dann hat rich boy mark ignorieren keine käfer pokémon das ärgert mich oh du oh ich ist mein pokémon geheilt unheimlich wenn plötzlich zwei wilde pokémon gleichzeitig auftauchen ein bisschen eine grindobeere was ist eine grindobeere grindobeere ist das eine erbse eine bohnenschote ich hab keine ahnung irgendwas wird sie schon darstellen zuerst wir machen direkt wieder zwei gegen zwei zwei gegen zwei bitt natürlich das risiko dass es schrecklich schief gehen kann aber wir müssen uns auch ein bisschen spaß erlauben durch die verbindung von trennen und pokémon wird eine große kraft geboren ich wünsche ich hätte eine große kraft zwei pokémon ich denke wir können uns doch vor allen dingen dass wir genera erst ignorieren können guter lander wie viel schaden macht der flügel schlag akzeptabel über zahn von radikal mehr als akzeptabel und der schaden von guter lander nicht allzu hoch ich denke es kann an dem Punkt noch keine wirklichen drachen angriffe aber aber in anderen situationen hätte das durchaus kritisch werden können dann wiederum sollte mich nicht zu früh freuen denn noch steht das guter lander ok update steht nicht es ist absolut besiegt ok sehr schön glücklicherweise haben wir bisher auch von trainern noch warum ich so sagen was ich auf jeden Fall gesagt habe was ich angefangen zu sagen aber jetzt schon zu spät um rück ig zu machen glücklicherweise haben gekämpft ich meine sie hat sowas wie Zapdos aber nichts wirklich starkes und das ist nämlich seit Rable verteidigen die du hast Schanera das werden so viele erfahrungspunkte 900 928 jetzt bin ich die jenige die Niederlage davonträgt das ist ähnlich ok ich Sitzbank du bist aktuell zurückgefallen vom Level her denn das sollten wir direkt äh ändern hier kommt Texa Plaga meine Sinne arbeiten auf Hochtouren ein seltenes Pokémon naja das ist also ein seltenes Pokémon Sinn oh Gott die haben ne Menge Pokémon Krebs Skor auf Level 14 ähm ich denke ich werde erstmal auf Staraptor losgehen Krebs Skor ist super cool warum ist Krebutag dann so ein dummes Pokémon ist bisschen schade der getreue Hyperzahn leistet wie üblich hervorragende Arbeit er greift wie üblich radikal an das weiß ich sehr zu schätzen Aquaväle hat nicht erreicht um Staraptor zu killen Teilung von beiden wurde gesenkt Gott tut mir leid der Kaff ist nur gerade so aufregend da kann ich mir nicht helfen es erinnert mich an die gute alte Zeit erinnert euch an Spiros Inn es war ein Kanal ursprünglich mit Kegi und Wolle und dann mit Kegi und Fully und da haben wir Videos hochgeladen von irgendwelchen JRPGs die wir gespielt haben weil keine Ahnung wir dachten wenn man das auf einen anderen Kanal hochlägt das wäre nicht gut für die Performance oder was auch immer ich glaube ich will den Buddyslam nicht lernen können ja andere für besser und deswegen haben wir extra Kanal gemacht dafür wie auch immer auf jeden Fall habe ich da auch Mario RPG gespielt und Super Mario RPG war so ein langweiliges Spiel ehrlich gesagt es war so langweilig ich musste irgendwie bei jeder Aufnahme musste ich irgendwie alle drei Minuten gehen wenn ich so zurückdenke da muss ich gerade denken nicht dass der Platin so langweilig ist aber ich mag Mario RPG wirklich nicht ich weiß nicht ganz was ich meine es kam in Europa nicht raus und in den USA hat es an sich scheinen Leute sehr zu mögen scheinen einen sehr guten Ruf zu genießen und ich weiß wirklich nicht ganz warum ich meine es wird wahrscheinlich Nostalgie sein oder so aber ich als jemand der es zum ersten Mal mit 22 Jahren oder so gespielt hat kann sagen die anderen Mario RPGs haben das ganze Konzept halt einfach also Paper Mario und Mario Luigi haben das ganze Konzept so viel erweitert also das Kampfsystem vor allem dass es tatsächlich nachvollziehbar ist was man wann drücken muss es ist viel mehr schwer Mario RPG zu spielen und allzu aufregend zu finden ich meine die hatten denke ich ein paar nette Momente aber na es ist kein Paper Mario sagen wir es so für mich zumindest ich meine es ist für die meisten Leute kein Paper Mario ich bin besser daran dass es kein Paper Mario ist aber ich würde mal sagen Paper Mario ist cooler hauptsächlich weil es aus Papier ist aber auch weil das Gameplay nachvollziehbar ist okay soviel dazu das war meine Geschichte die ich zum Gainern zu erzählen habe wow das ist wenn Baby Luigi in Mario Kart Double Dash getroffen wird von irgendwas größerem was hat er gesagt Glücksrauch was halten wir vom Glücksrauch ein Item zum Tragen das bringt doppelt das Preisgeld wenn der Träger ja ups deutscher Knopf das würde ich sehr gerne verwenden Krokodok oder Sterni der Krokodok Krokodok hauptsächlich weil ich die nächste Zeit mehr einsetzen werde als Sterni Sterni ist nämlich schon auf Level 20 ich habe das Gefühl die Musik scheint hier ein bisschen in dem Wald ähm nicht ganz so gut zu funktionieren ich schiebe die Schuld in dem Fall auf den Emulator vielleicht ist es einfach mit den mit den transparenten Schatteneffekten einfach zu viel ich meine wird wahrscheinlich auf ihn auslaufen Hydro Pumpe auf Drift Zeppeli hör auf für meinen Kill zu klauen das war meiner jetzt die Hydro Pumpe komplett Overkill und unnötig gut gemacht erinnert natürlich noch an die Zeit als ich ein Lush-Joking fangen wollte also an Zeiten und für kurze Zeit dachte ich dass es tatsächlich möglich sein könnte und dann ähm ja das hat sich dann sehr schnell erledigt wenn ich aber in Zukunft beziehungsweise in absehbarer Zeit noch ein paar Level-ups farmen muss muss ich sagen dieser Wald scheint wirklich hervorragend dafür zu sein die Pokémon die sich hier herumtreiben geben alle super Fehlerfahrungspunkte also auch wenn die Kämpfe dann nicht mehr 2 gegen 2 sind auch dann wird das doch ein guter Ort dafür sein hey ich hab schon meine Gena-Geschichte erzählt und da ist der Hyperzahn und wir haben gewonnen so was befinden sich jetzt noch da wenn ich in nördliche Richtung etwas weitergehe ich meine ich hoffe hier gibt es irgendwas zu sehen habe ich hier noch gekämpft nein ich hätte den Kampf gegen die beiden ausweichen können ich spüre eine eigenartige Präsenz und du verströmst sie dieser Wald ist seltsam es scheint als fülle meine Energie auf nein das ist der Begleit den du bei dir hast bei mir zumindest Tauboga und ein Botogel das ist ein fliegendes Dreamteam wenn ich jemals eins gesehen habe Lapos du dürftest übrigens irgendwann mal Eisangriffe lernen Tauboga hat einen Super Grins Sprite in der Generation ich mag dass Tauboga einfach gerade im Angriff ist es schnappt sich gerade ein Raupi oder so mehreren Pokeseinträgen von Tauboga ist die Rede davon dass es Raupi frisst deswegen war das mit dem dass ich ein Raupi schnapp das war nicht einfach nur so daher geholt ich muss mich korrigieren ich bin mir gerade nicht sicher ob es in den Pokeseinträgen von Tauboga die Rede davon ist oder von Tauboss es tut mir leid oh nein mein Beniti ich habe kein Beniti gesehen ein Sieg es gibt nichts seltsames an dem Sieg zu sagen ich meine das war ein sehr eindeutiges Match würde ich sagen nein was mir gerade auffällt Lapras ist inzwischen auch schon auf Level 20 das heißt wir packen Krokodok an die erste Stelle und dann werde ich ich habe mich gerade erinnert dass ich Schutz gekauft habe und den habe ich nicht grundlos gekauft das heißt wenn ich mich jetzt noch weiter umschaue will ich absolut meinen Schutz verwenden hier unten gibt es absolut nichts von hier komme ich einfach nur Tipps für Trainer in Wäldern und Höhen gibt es viele Items die man aufgrund der Dunkelheit nicht sofort das ist nichts absolut nichts aus der Frechheit das ist es was es ist eine Kerzalbäre ist das was was man zu einer kleinen Kerze sagt wo ist die Kerzalbäre wahrscheinlich eine unreife Aubergine schätze ich schwächt sehr effektive gegnerische Attacke vom Typ Elektro das ist sehr spezifisch okay wir haben es geschafft oh da ist der Ausgang jetzt fällt mir ein Stell vom Herz wir haben es echt geschafft allein bin ich niemals durch den Wald gegangen vielen 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 Dank MOP männlich bitte nimm dies als zeige meine Anerkennung Sanft Glocke das erhöht natürlich die Zuneigung zu meinem Pokémon schneller wenn es diese trägt ich bin mir sicher Gegner bis dahin alles Gute alles Gute auch an dich den zweiten Schutz einzusetzen war nicht nötig gute 205 hier waren wir bereits das heißt es gibt kein Pokémon für mich zu sehr gefährlich wie er mich gerade eiskalt bedroht hat ich würde sagen die Angler wo ich dann versuche in Angriff zu nehmen wenn ich vielleicht noch irgendwo anderes Pokémon habe das ich trainieren will was aktuell nicht der Fall ist können uns ein Bike holen können in den Shop schauen ich will in den Shop schauen und dann sind wir so weit fertig für heute das Gefühl die Folge hat sich etwas gezogen aber dafür dafür haben wir ich meine ich habe so viele Level ups geschafft es war okay es war okay ein Ball das Erfolgsquote besonders bei schwächeren Pok ist das verstehe ich nicht ich glaube die Erfolgsquote auf Maximum müssen irgendwie 30 Level unter einem sein oder so oder unter Level 30 ich weiß auch nicht das wäre irgendwie ganz seltsam wir nehmen noch zwei Netzbälle mit sind ein bisschen teuer aber das ist es wert ich bin ich bin das ist das der Vater von Lucia auf Wunsch des Professors bin ich hierher gekommen um dir bei deinem Abenteuer zu helfen ach du liebens sein du hast 116 Pokémon getroffen wunderbar bravo Professor Eibe wird der Freund sein hier ist etwas für dich yes Pokémon das den EP Teiler erhält Erfahrungspunkte aus Kämpfen und zwar selbst dann wenn es gar nicht am Kampf teilnahm deswegen soll es zu den EP Teiler ein Pokémon geben das schnell aufgezogen werden soll oh yes oh yes das wird sehr 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 hilfreich sein der Moment in dem man den EP Teiler bekommt ist immer ein sehr guter Moment ein großer Moment ein mächtiger Moment oh nein willst du kämpfen bums hey Wuppie männlich du bist doch gekommen um dir die Pokémon Statue anzusehen stimmt ich bring dich hin ja dafür bin ich hier ja richtig ja Pokémon Statue ja doch ja aber was hier haben wir hier haben wir ja die Pokémon Statue der Stadt ewig genau fest miteinander verwoben geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form in Sinnoh vermehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit die Mythen sinnlos wir müssen sie auf Wahrheit überprüfen entschuldigt geht zur Seite kannst auch außen rum gehen ist aber ein höflicher oder Oh jetzt kann ich hier noch was fangen irgendwo hier kann ich was fangen dann würde ich sagen wir schauen uns doch an was wir hier mitnehmen können ok krokodok es ist an der zeit bis oder sie ist ein hit ich mag das krokodok du bist du bist ein guter kämpfer versteht ihr ich versuche auf zeit zu spielen damit ich den timer ball einsetzen kann das protokoll nein das ist gut dass es erholung einsetzt das heißt wir machen noch mal den biss und dann kann ich den pokball werfen werdet es schläft und das erhöht unsere fangquote doch ungemein pokéball da bringt der netzball nicht wirklich was gegen two boots schon es ist eben doch nur normaler pokéball ich weiß übrigens echt nicht eure lage sein werde two boots zu fangen wir werden einfach mal die bälle bis auf den netzball werfen und dann schauen was passiert das sieht nicht gut aus bisher der ball hat noch nicht einmal gewackelt und das wäre relativ wichtig dass der ball wackelt um was damit zu einmal ich meine einmal ist besser als kein mal jetzt noch mal erholung machen bitte ich mach mal silberblick ich will es eigentlich lieber dann fangen wenn es gerade nein ich hab's ruiniert ich hab's ruiniert warum hab ich silberblick gemacht nein das kann ich kein bisschen einsetzen sonst stirbt es nein das war nicht gut das war nicht gut konfusion ich will sagen wir schinden jetzt einfach ein bisschen zeit und dann werde ich schauen sich den vielleicht wird es noch mal einschlafen das wäre ganz gut und wenn es dann noch mal einschläft würde ich unglaublich gerne versuchen den timer ball zu werfen dann sehen wir wie es läuft konfusion das macht aber erholung nicht mehr was relativ interessant ist wir machen noch einmal silberblick und dann werfe ich den timer ball wir werden sehen was passiert ich meine ich weiß dass es nicht drin bleibt aber auch verletze ich bitte nicht selbst zur verwirrung typisch wechseln wir zu sitzbank sitzbank kann ein paar andere verablocken die glänzer ok wir versuchen wir den timer ball zu schauen was passiert schon schon nein nein ok es ist zeit zu sterben ich werde es mit normalen pokémon nicht fangen können das ist halt immer das problem wenn man so früh auf längere pokémon trifft es ist halt du kannst ja nicht wirklich mit normalen pokémon fangen es ist einfach zeitverschwendung an dem punkt dafür bekommen wir ein paar erfolgspunkte ausgerechnet dieses aber wir können in ewig genau auch noch angeln äußerst interessant vielleicht will ich doch noch mal ein paar pokémon kaufen und dann werfen wir die angel aus oh hallo sind hier oh dieses utensil da ist das ein pokédex puh da kommen alte erinnerungen hoch entschuldige bitte wie heißt du denn schön hallo vielmeinlich den namen werde ich bemerken mein name ist cynthia ich bin auch ein trainer genau wie du ich studiere die mythologie der pokémon aus reiner neugier hier in ewig genau steht die statue eines pokémon des altertums hast du sie dir schon angesehen legende besagt dass es ein extrem mächtiges pokémon gewesen sei wer weiß vielleicht begegnest du auf deinen reisen einem ähnlichen pokémon nimm das hier mit es wird dir sicher nützlich sein vor allem 1 enthältst du zerschneider damit kannst du bäume zerschneiden aber nur die mit einer schwarzen outline die vor allem zerschneider kann auf reisen verwendet werden so kommst du gebiete wo du vorher nicht erreichen konntest das ist wichtig um deinen pokémon zu auffüllen zu können weißt du Blick auf deine reise trainer oh ich hab noch was vergessen richte professor albemann die grüße aus sicher also jetzt rücken wir uns dann an kaufe ich pokémon und dann werfen wir die angel aus und dann sind wir fertig für heute oh ich hätte gerne 8 pokémon also das hier ja das zieht noch zu der stadt dazu ok dann werfe ich die angel aus und hoffe dass es kein äh legendäres pokémon sein wird weißt nichts an das ist ok wir haben alle Zeit der welt man geht nicht angeln weil man schnell ergebnisse erzielen will man geht angeln weil man Zeit verschwenden will und ich kann euch sagen wenn es um Zeit verschwenden geht ist angelnden pokémon ziemlich gut dabei ich hasse es dass es so oft kommt oh es hat nichts angebissen das ist so eine Zeitverschwendung es ist halt einfach nichts anderes also die spieler handhaben das auch nicht so und und Porygon Z oh das ist so cool ich versuche mal ganz vorsichtig mit Raserei zu schwächen ja sieht ok aus Psystrahl ist gerade schon Psystrahl ich weiß gar nicht was überhaupt der Sinn hinter Porygon Z ist oh warte Rasereistärke wenn man danach angegriffen wird das war es glaube ich es war gar nicht wie Zornklinge da wechselt das nur immer so am Rande auf jeden Fall Porygon Z ist geschwächt Plan Z er funktioniert perfekt äh Pokéball ich weiß nicht ob Netzball hilft fürs Protokoll ich glaube es hilft noch bei Wasser und Käfer pokémon das ist nicht unabhängig davon wo man sie versucht zu fangen also es ist unabhängig davon wo man sie versucht zu fangen glaube ich ich werde nochmal nachlesen ein Ball das sich besonders gut ereignet um Wasser und Käfer pokémon zu fangen ja nein ja nein versteht ihr ist einfach ja nein ja nein das ist nicht gut Porygon Z du musst mit dem Ball bleiben verwendet sich zu Typ Unlicht mein Biss wäre jetzt nicht so effektiv aber ich möchte trotzdem nicht versuchen einzusetzen hmm ah was ist das mit dem Pokémon die so eine miese Fangrate haben warum kann ich überhaupt immer noch keine Superbälle kaufen allein Superball würde mein Leben schon ungemein erleichtern aber warte vielleicht wird es irgendwann noch zum Typ Wasser wenn Porygon Z äh Wasser ist wissen wir was ich dann einsetzen kann oder Käfer dann setze ich meinen Netzball ein mach rum Wandler uh ist der Tränkeschmied uh okay es wird übrigens gefährlich an dem Punkt es hat nämlich seinen Spezialentgriff gerade starke starke hat das nicht gut komm schon nein ähm ähm war nett mit dir Porygon Z war nett mit dir ich ich nein nein wir können nicht gegen Pokémon kämpfen das zweimal Renkeschmied eingesetzt hat auch wenn es nur auf Level 8 ist ich weiß nicht wie viel Schaden der Psychstrahler an dem Punkt gemacht hätte das das war das nein vor allem weiß ich nicht ob Porygon Z wirklich so ein gutes Pokémon ist dass es das Risiko überhaupt wert sein könnte aber ich glaube kein Pokémon wäre das Risiko wert gewesen weil es einfach es war ein zu großes Risiko vor allem sah es auch nicht so aus als ob ich mit dem äh Ball werfen soll nicht gut vorangekommen wäre natürlich hätte man sagen können hey du hättest auch Trashy einwechseln können aber keine Ahnung ob es nicht noch einen anderen Angriff hat das war die ganze Situation ist mir ein bisschen zu heiß geworden an dem Punkt versteht ihr ja und dann würde ich sagen dass wir soweit Pokémon Platin Part 6 glaube ich und wie das ganze weiter geht sehen wir im nächsten Part der nicht ganz zu lang gehen wird denke ich vielen Dank fürs Zuschauen wünsche ich es mal und gute Nacht Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin in der Randomizer Nuzlocke Challenge beim letzten Mal haben wir viele Kämpfe gemacht und erfolglos versucht Pokémon zu fangen heute reden wir mit dem Typen mein Freund seit Team Galactic hätte ihm sein Lieblings Pokémon gestohlen ich glaube er lügt die Mitglieder von Team Galactic sehen so cool aus die würden selbst was nie tun hehehehe ja ich glaube auch dass er lügt Martin lügt immer er behauptet immer solche Dinge ich glaube er will nur darüber hinwegtäuschen dass seine Eltern sich geschieden haben aber okay der Manager ist zum Gebäude des Team Galactic gegangen aber ist noch nicht zurück was hält die nur so lange auf hmm wir haben nur einige Fahrräder hier muss ich sagen ich glaube das ist so eine Art Fahrradladen ich bin mir da noch nicht ganz sicher aber wir werden es früh genug herausfinden man sagt das sei eine uralte Stadt aber man sieht es hier nicht an schau all diese hohen Gebäude da ist eine hohe wobei es sind mehrere wisst ihr was es sind viele hohe Gebäude ich ziehe meine Kritik zurück ewig genau ist auch nicht mehr was es früher mal war ja seit Team Galactic diese Gebäude gebaut hat ist die Atmosphäre hier ganz sehr gruselig und angespannt was machen die hier überhaupt oh Team Galactic hat all die Hochhäuser gebaut wohnanlage ewig genau Namensbewertung möglich aber warum haben sie das gebaut hallo ich bin Namensbewerter soll ich spitze mit einem Pokémon bewerten? nein verstehe bis zum nächsten Mal Entschuldigung hast du einen Pokémon namens Schneckmark willst du es gegen meinen Lilip tauschen? warte wir hatten einen der wilden Makargo gegen Lugia tauschen und du willst Schneckmark gegen Lilip was ist es mit dieser Entwicklungsreihe dass sie jeder haben will? Hi ich bin der Gebäude Wächter ich bin 24 Stunden am Tag wachsam ok Gebäude Wächter freut mich dass du hier bist und das Gebäude so behutsam beschützt Arenaleiterin Silvana geht oft in den Ewigwald ich frage mich was sie dort macht keine Ahnung spazieren gehen die Attacke Aufbereitung wird während deines Kampfes verwendet aufbereitung erneuert dein Item nachdem es von deinem Pokémon bereits eingesetzt wurde oh was das das wusste ich ehrlich gesagt nicht diese TM Aufbereitung habe ich jetzt schon so lange ich kann sie einfach nicht richtig verwenden ich schenke sie dir hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich das kann ich nicht garantieren aber wir werden sehen worum es sich handelt im TM und VM Beute es ist Donnerschock eh nein ich will es nicht bei nein ich will ich will nicht aktivieren ich will ich will wieder gehen guten Tag Zeit für riesige Rekorde wie immer sehen wir uns auch diesmal einen der einen aus der Vielzahl von Rekorden an die von Tränen aufgestellt wurden riesige Rekorde möchte von dir hören sei nicht schüchtern und teile uns mit wenn du Rekorde gebrochen hast auch ein Statistiktausch mit Freunden im Konnexclub ist von Vorteil so erfahren wir auch von den Rekorden einer Freunde ich möchte die Rekordmomente unserer Zuschauer nicht verpassen tschüss und bis zum nächsten Mal das war nicht so aufregend außerdem sind die Server immer noch down lass mich in Ruhe damit unerreden oder gewonnene Wettbewerbe es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten ein Sieger zu sein und ich hoffe du findest etwas wobei du der strahlende Gewinner sein wirst ich glaube das fände ich ganz cool wenn man ein Pokémon spielt tatsächlich so spielen könnte wie das war die Sache von Generation 3 im Anime als Maike mit dabei war und sie hat immer nur an Schönheitswettbewerben teilgenommen dass man einfach so einen alternativen Spielmodus hätte wo man nur an so einen anderen Wettbewerb teilnimmt oder so aber das muss man fairerweise sagen die sind leider nicht mehr ansatzweise interessant genug um das zu rechtfertigen und was macht man dann zwischen den großen Wettbewerb ja wahrscheinlich liefert man sich Schönheitswettbewerbe mit anderen Trainern und wisst ihr was es gibt viele Gründe um sie es nicht getan haben ich habe viele Bälle gesammelt und tausend gegen Accessoires nächster Halt Herzhofen dort nehme ich am Wettbewerb teil aha ich habe dich erwischt jetzt nehme ich nehme jetzt deine Fahne das Capture the Flag du kannst mich nicht fangen ich habe Fallen aufgestellt ich glaube sie spielen das Untergrundspiel ehrlich gesagt aber das werden wir uns noch anschauen wenn die Zeit gekommen ist denke ich ich wollte den Untergrund damals immer hauptsächlich machen um an die Fossilien zu kommen oder Entwicklungssteine der Rest von mir ehrlich gesagt immer ziemlich egal was haben wir sonst noch alles wenn du ewig genau besuchst musst du dir ein Fahrrad besorgen um den Radweg entlang fahren das dachte ich mir oh du hast einfach keinen Forschersack dabei dann solltest du mal mit dem Mann im Haus neben dem Pokémon Center sprechen oh ja oh ja das sollten wir machen das ist jetzt mein Haus ich wohne hier das ist ganz nett hier das ist mein Haus ich glaube nicht wenn ich hier später auftauchen will du hallo ich bin Sivane die Arenaleiterin dieser Stadt der letzte mich herausforderte war so ein ungestümer junger Kerl du kennst ihn er hieß Jochen er hat dich schon angekündigt seitdem hat er gesagt du seist auf dem Weg dass du auf dem Weg hierher bist ich bin ganz zappelig in meiner Arena trittst du erst am Ende gegen die Arenaleiterin mich an doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainern der Arena ich weiß nicht was diese Erklärung soll das ist nicht die erste Arena die wir machen ich warte ganz hinten auf dich Trainer enttäuscht mich nicht hä warum erklärt ihr erst bei der zweiten Arena wie das abläuft nicht bei der ersten ernsthaft was soll das Fokusband warte es Fokusband ist glaube ich Fokusband könnte stark sein dann wiederum da behält man ein KP glaube ich ein Item zu tragen das seine Kampfunfähigkeit verhindern kann da dem Anwender ein KP bleibt die Frage ist trifft das auf alle trifft das immer zu oder nur wenn man mit einem Angriff zu Boden gehen würde ich meine wir werden es mal ausrüsten ich hoffe dass ich es nicht brauchen werde aber kann jetzt auch nicht schaden das ist eine schicke Arena das gefällt mir haben wir eine Blütenuhr willkommen legen wir gleich los ohne großes Trara du sagst das wir werden den Forscher Sack noch holen fürs Protokoll ich weiß irgendjemand ist gerade ganz ungeduldig was das angeht aber alles zu seiner Zeit Level 17 Schein das ist ein Problemux das ist ein Problemux in erster Linie ist es kein guter Gegner für Kokodop im generell eine relativ große Elektroschwäche daran sollten wir irgendwie versuchen noch zu arbeiten Scheinux setzt Silberblick ein das ist sehr gefährlich Schlammbombe ich habe nicht das Gefühl dass ich sonst jemals noch dazu kommen wäre die Schlammbombe einzusetzen also das war hervorragende Arbeit ich dachte hätte gesagt nicht dass sie wirklich irgendwas bringen wird aber das war ein One-Shot das war saubere Arbeit und Botogeld das ist das zweite Botogeld das wir in dieser Challenge antreffen behalte dein Geschenk bitte für dich und friss die Drachen gut ich finde es wirklich ein bisschen schade dass die Arena nicht einem gewissen Typ folgen ich denke das ist immer ziemlich cool für eine Arena aber ja was solls das hat fast ein bisschen Schaden gemacht hör auf damit was solls dieser Randomizer ist einfach ein bisschen anders als die anderen Randomizer Protogeld gibt eine starke Menge Erfahrungspunkte 666 für ein dummes Protogeld Esteban so sehen wir uns wieder die Blumen nur in dieser Arena du kannst auf ihren Zeigern laufen so gelangst du zum nächsten Trainer ja hieß nicht irgendwie alle Team Magma Gruppe oder so Esteban in Smaragd als wir Randomizer gemacht haben irgendwie sowas schon ich an wie hoch aufgelöst die Blumenuhr ist da fehlen einem fast die Worte ich hätte nicht durch die Blumen laufen hier ist aber ich will mich ja nicht nass machen zumindest nicht vom Wasser das heißt wir gehen besser hier rüber okay meine Pflanzpuppen haben ein paar überzeugende Angriffe drauf so leicht kommst du nicht an mir vorbei ich weiß ja nicht fängt gerade auf dass die zweite Arena die Pokémon gehen schon auf Level 20 zu oh kann ich das haben? dann könnte ich mir einen Lugia holen könntest du mir das über Cargo mal ausleihen kriegst du es auch wieder ist eine Lüge ich werde es behalten ich werde es nicht behalten ich werde es einfach hergeben und sie wird es dann irgendwie schon finden das ist wie die Simpsons Folge in der sie sich einen Hund geholt haben einen anderen oh nein ich will die Geschichte gerne weiter erzählen aber das macht mir ein bisschen Angst das ist keine Explosion ich weiß es einfach ich weiß dass du Explosionen kannst Fluch hmm Angriff und Verteidigung steigt okay das ist nicht gut wer sollte ihm nicht zu viel Zeit geben ähm ich schicke Looter raus und wir wüten einfach wie ein Drache mit der Drachenwut und wir hoffen dass es gut geht Fluch der Angriff wurde soeben verdoppelt das ist nicht gut die Verteidigung ebenfalls Drachenwut sollte definitiv guten Schaden austeilen reicht aber nicht ganz Fluch oh mein Gott okay Regis Stil ist ein bisschen verwirrt das weiß ich was es machen soll das hätte glaube ich als Angriff wäre dann sowieso wahrscheinlich nur Antikkraft oder so aber vielleicht ist es auch keine Explosion mehr ich bin auf jeden Fall nicht traurig darüber dass dieser Kampf jetzt so gelaufen ist puch das hätte unangenehm werden können und Vipitis ich fand Vipitis nie so cool wie Zengo Zengo ist natürlich der Rivale von Vipitis falls euch darüber wundert der weiß das ist ein guter Einsatz für Trashy los Trashy wir haben dich nicht vergessen bist du immer noch wichtiges Mitglied des Teams oh Giftschweif willst du mal Giftschweif lernen Trashy das wäre super cool äh Kopfnuss schau euch Trashy an Trashy weiß dass es um den Kampf in diesem Team äh um den Platz in diesem Team kämpfen muss und Trashy ist bereit den Kampf aufzunehmen das war ziemlich gut Jack La Cristiano je schöner die Blume desto schneller verblüht sie ich weiß nicht nach jedem Sieg über den Trainer bewegen sich die Zeige der Blumenuhr auch die Springboden schalten sich aus wenn ich verliere so kannst du auf dem Weg zur Leiterin in Pokémon Center vorbeischauen ich denke das ist ein großer Fehler den sie bei den Arenen immer gemacht haben ich meine ich weiß die Spiele sind äh sollen auch von Kindern äh für Kinder machbar sein sollen und sowas aber ich habe das Gefühl Tatsache dass man nach jedem Trainer in der Arena einfach rausgehen und ins Pokémon Center gehen kann ich habe das Gefühl das ist ein bisschen vergeudetes Potential man könnte natürlich sagen hey niemand zwingt dich das zu machen aber ich werde erwachsen natürlich werde ich das machen wenn ich die Option dazu habe ich denke einfach nur es wäre interessanter wenn man die Arena direkt am Stück machen müsste dann würde auch der Arenaleiter was bedeuten das wäre halt das gleiche Konzept wie bei den Top 4 du kannst ja auch nicht nach jedem Top 4 Mitglied einfach random zum Pokémon Center gehen und nicht aufhören und sagen ja gut jetzt bin ich bereit für die nächsten nein du musst sie alle am Stück machen und am Ende kommt der Champ ich denke das ist interessanter irgendwann in Zukunft werde ich es vielleicht so machen dass ich aus dem Arena nicht abhauen und mich einfach aufhören kann das finde ich relativ interessant aber nicht heute hallo der liebliche Duft meines Popol wird dich vom Sieg ablenken von meinem Sieg ablenken also werde ich gewinnen oder was ein Amaldo Amaldo ist tatsächlich ein guter Gegner für den Krokodok jetzt habe ich wieder die kleinen Glubsche Augen gesehen jetzt wenn mich Amaldo sehe ich dann sehe ich die tatsächlichen Augen und denke mir nein warum sind die roten Teile nicht deine Augen dann wärst du so cool Amaldo aber nein du bist so seltsam Glubscher es ist mir deine Nase die roten Teile da ich weiß ich erwähne es jedes Mal aber ich bin jedes Mal aufs Neue irritiert denn meine Erinnerung 10 Jahre meines Lebens oder so mindestens habe ich diese Augen an den Seiten von Amaldo und Anurid nicht gesehen und inzwischen sehe ich sie jedes Mal und ich bin jedes Mal erschüttert das war eine Menge Erfahrungspunkte Level 21 für den Krokodok Eiszahn nicht stab aber besser als Silberblick Krokodok erlernt Eiszahn deine Fähigkeit lassen sie sich auch nicht verschleiern das lassen sie ganz gut und weder bewegt sich die Blumenuhr die Zeit verfliegt nur die Arenaleiterin ist jetzt noch übrig geh schon hab keine Angst ich zittere und schlottere aus Angst vor der Arenaleiterin was soll das überhaupt für eine Uhr sein warum dreht die sich nicht wie eine richtige Uhr das ist ein bisschen enttäuschend das Wasser springen Bruder und es sprudelt nicht mehr du kannst du Wege beschreiten die dir vorher versperrt waren achso den einen Weg der mir vorher versperrt war ich mag es dass sie an die Wand Wolken gemalt haben hehehehe ich meine es ist immer noch ein Gebäude muss man sich zu helfen wissen ok das hat aber gedauert ich bin die Leiterin von ewig genaues Pokémon Arena mein Name ist Silvana mach dich auf meine Pflanzen Pokémon gefasst schon als ich das erste Mal sah wusste ich dass du es bis zu mir schaffst und ich behielt recht schon an deiner Nasenspitze erkennt man den Gewinner ich habe das Gefühl wir werden viel Spaß haben auf in den Kampf auf in den Kampf Marshall Artisan Marshall okay Artisan Marshall Fearnontor uuhh Level 20 oh nein wenn ich Pech habe ist der stärkste Pokémon von ihr auf Level keine Ahnung äh 24 und das wäre nicht gut das könnte mich zurückschrecken lassen das ist auch nicht gut es macht akzeptablen Schaden bleiben wir beim Biss nicht zurückschrecken Krokodok lass dich nicht zurückschrecken damals als ich mit meinem Despotar äh viel gekämpft habe zu Kristallzeiten Pokémon Kristall ähm da habe ich auch sehr viel Biss eingesetzt und ich habe immer gerne eingestellt ich habe es viel in ähm dem Silberberg trainiert und da sind sehr viele Gesteinspuken unterwegs und ich habe mir gerne vorgestellt dass der Biss äh grausamer schärfer und äh gemeiner wird je mehr man auf Gesteinspuken herumgekaut hat weil dadurch die Zähne quasi mehr ja sie werden dann spitzer und schärfer und sowas deswegen dachte ich mir hierher da schreckt die Pokémon dann öfter zurück äh zurück es sprach zu 50% der Wahrheit mit 50% meine ich null aber ja so lief das damals wir hatten ja keine Ahnung mit wir meine ich mich mal nicht Doppelteam Dankeschön okay Imperator das finden und das schaffen wir schon Krokodok Dankeschön okay so gut wie geschafft Krokodok tu mir das nicht an yes der Krokodok hat's wieder mal geschafft das sind ordentliche Erfahrungspunkte reicht das für Level 22? nein Lunarstein äh gemessen daran dass Imperator äh Krokodok sehr geschwächt ist würde ich sagen wir wechseln äh ganz spontan zu Gluta über ich wollte zuerst Sitzbank in Betracht ziehen aber das Problem ist dass Sitzbank natürlich eine Schwäche gegen Gestein hat und Lunarstein könnte eventuellen Gesteinsangriff haben das wäre ziemlich unangenehm uuuuhh Level 22 Lunarstein macht Damage aber ein Megasauger hoffentlich auch äh sollte jedes Mal äh gute 20kp Schad machen pro Konfusion das heißt ich kann auf jeden Fall noch äh zuerst versuchen Drachenboot NEIN NEIN hmm hmm Trashy kann keinen Angriff der nicht vom Typ normal ist richtig ok wir wechseln wir wechseln zur Sitzbank ich kann unbedingt viel heilen das heißt ich kann mich jetzt auch nicht einfach durch die Kämpfe durchheilen Sitzbank hat aber eine enorme Spezialverteidigung ja das ist absolut kein Problem äh Hydro Pumpe ja kannst du mir was pumpen ein bisschen Wasser vielleicht das war lustig was soll das das war so dermaßen lustig das lass ich mir auch nicht nehmen 5kp aufgeheilt ok und wir haben die Erfahrungspunkte ordentlich aufgeteilt Level 21 für die Sitzbank und ein Quapuzzi hmmm es ist noch nicht zu Ende mach mal kein Fußstrahl und dann äh Scheinwerfer Quapuzzi sollte denke ich H2O Absorber haben das ist ja äh sollte ich nicht all zu sehr versuchen auf Wasserangriffe zu gehen und ich weiß dass Quapuzzi noch nicht vom Typ der Kampf ist ok ich will nur einfach schauen wie viel Schaden Scheinwerfer macht weil ich keine Lust habe auszuwechseln oh das war hervorragender Schaden durch die Verwirrung und ja das sieht ordentlich aus vor allem ist die Spezialverteidigung direkt gesunken sind die nicht jedes Mal wenn ich Scheinwerfer einsetze oder noch manchmal das sollte man nochmal im Auge behalten ich habe das Gefühl Spezialverteidigung sinkt schon sehr oft ok der Kampf ist gelaufen der Kampf ist so dermaßen gelaufen seht ihr Sitzbank hat es immer noch drauf Sitzbank ist nicht nur bequem sondern auch stark im Kampf 1 KP aufgefüllt cool Artisanenmarsch wurde besiegt unglaublich du bist sehr gut wie nicht nur gut ich bin sehr gut richtig habe ich schon erwähnt dass du ein richtig harter Brocken bist es muss doch schwer gewesen sein deine Pokémon so gut zu erziehen dann erkennt man wohl wie gern du deinen Pokémon hast als Zeichen der Anerkennung sollst du dies hier haben Erropimälich hat den Waldorden von Silvana erhalten wuuu der Waldorden wuuu der Waldorden erlaubt es dir die versteckte Maschine zerschneide außerhalb eines Kampfes einzusetzen mit den 2 Arena Orden die du bereits besitzt werden alle Ertausch-Pokémon bis Level 30 gehorchen hier ist auch eine kleine Überraschung für dich ein kleines Geschenk von mir naja was wird das für eine TM sein wie Attacke Säurepanzer hmm dann habe ich meine Zweifel dass das Säurepanzer sein wird das lief soweit ziemlich gut würde ich einfach mal behaupten äh TM86 es ist Säurepanzer au flüstert Körperzellen des Anwenders erhöht den Verteidigungswert hmm das hat mir schon äh es ist ein bisschen seltser als die einem Säurepanzer weil ich dachte ich mir das könnte vielleicht schon stimmen aber ja es ist halt nicht gestimmt hehehehe äh ich gehe ins Pokémon Center und dann schauen wir in das Gebäude neben dem Pokémon Center und werden uns mal ein kleines Säckchen holen und in den Untergrund schauen und dort gibt es ähm ehrlich gesagt nicht so viele Abenteuer zu erleben wir haben nicht wirklich viel ähm Untergrund zu holen na da wiederum wir können da einen Sonnenstein oder einen Blattstein bekommen und das bräuchten wir für Duflor das heißt es doch 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 es gibt ein paar Dinge zu erledigen im Untergrund hallo auf zu den Schätzen ich bin aus der Erzelingen ich arbeite dort im Bergbaumuseum der Untergrundmann hat mir Tipps gegeben wie man Schätze und Sphären ausgraben kann und bevor ich loslege gebe ich dir einen Tipp an dich weiter während des Grabens siehst du manchmal dunkle Steine die sind sehr hart wenn du sie zu oft schlägst bricht die Wand zu sammeln vergiss es nicht dann kannst du mindestens alle Schätze sammeln oh ich bin der Erste der im Untergrundtunnel gegraben hat man nennt mich den Untergrundmann also nennst du mich auch so hehehehe ich habe ein Geschenk für dich setz es mit Verstand ein der Forscher Sack dieser Forscher Sack bringt dich in den Untergrund wann immer du willst du musst ihn nur verwenden und schon bist du in den Tunneln der Untergrund ist eine ganz andere Welt dort kannst du dies, das und jedes tun lass dich überraschen ich kann dir beibringen ein guter Höhenforscher zu werden bist du interessiert? nein lass mich bitte in Ruhe ich habe dich zwingen ist alles deine Entscheidung niemand versteht mich oh nein ich bin immer nur Panzerfossil mein Freund gibt dafür immer zu Kopffossil hin aus wieso denn bloß? also schlimm ist es auch nicht wir können hier einfach tauschen ich gebe einfach ein Pokémon in Panzerfossil und tausche es gegen ein Pokémon meines Freundes den Tunneln im Untergrund führen überall hin besuch sie mit deinen Freunden indem du die drahtlose DS übertragung verwendest das habe ich glaube ich nie wirklich gemacht kann man einen Fall legen und so aus dem Untergrund aber eh eh ich habe hier immer nur meine Ressourcen ausgepackt dann war ich so weit fertig also los geht's drahtlose Übertragung wird gestartet? sicher sie ist dermaßen drahtlos also glaube ich schon 5 Stunden dabei bin mein Gott und Leute sagen äh einschließlich mir das Sonne und Mond träge Spiele sind aber nach 5 Stunden gerade mal 2 Orden? das ist nicht so viel hey Wimpy Männlich bist du etwa das erste mal hier? komm im Untergrund von Zinno bla 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 ja 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 kannst du sozusagen alles tun ja 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 man sieht sich So, wisst ihr, was wir jetzt auch mal schnell machen werden? Wir werden den Screen tauschen Oh, jetzt seht ihr die Karte nicht, aber das ist okay Ich glaube, da gibt es nicht so viel zu erkennen Wir können ein bisschen umherklicken Und damit kann ich dann verschiedene Wände sehen, in denen es was zu sehen gibt Auf der Karte sind gewisse Punkte markiert, wo es dann was gibt, was ich holen kann Oh, ich war zu lange unterwegs So, hier glitzert was Wie sieht es aus? Aha! Wir gehen also an die Wand An die Wand Wand geht gleich nach, willst du versuchen, da zu graben? Yeah, und jetzt wird gegraben Bist du auf dem Wand gestoßen, treibst du, steht die Öl Im Forscher-Sack befindet sich eine Notiz Noch Schätze und Sphärengraben In diesem Forscher-Sack findest du einen Hammer und eine Spitzsacke Mit diesen Werkzeugen kannst du inwendbare Schätze ausgraben Bestimmt holst du sie heraus, bevor die Wand einstürzt Du schaffst das, viel Glück, Trainer Okay Also, man kann hier die kleine Spitzsacke nehmen Um kleine Felder freizudecken Aber ich hab dafür keine Zeit Das heißt, ich hämmer immer fleißig los Äh, das ist denkbar ungünstig So weit, hier sind viele Steine Und an denen vorbeizukommen ist schwer Und hey, ich hab alle drei Gegenstände gefunden Purposphäre Purposphäre und eine Steintafel Steintafel müsste Angriff von Steins-Pokémon erhöhen Aber jetzt glaubt er nicht Und da unten ist was Bewegungstafel nach links im Boden gefunden Oh ja, das quasi Das ist, damit man sich sowas ähnliches wie die Geheimbasis aus Generation 3 einrichten kann Vier bestätigt Vier Schätze Okay Dann suchen wir mal los Es gab auch irgendwo einen Händler, wo man sich Zeug kaufen kann Seht ihr das? Was ich da gerade freigedeckt hab? Das ist eine Betonwand, von der will man sich fernhalten Oh nein Oh, das lief miserabel Hier sind vier Dinge versteckt Und wir haben so wenig gefunden Aber es war sowieso nichts interessantes Ich würde halt echt gerne einen Stein für Duflor finden, muss ich sagen Das heißt, eventuell will ich noch ein bisschen länger mein Glück versuchen Falls ihr nichts dagegen habt Aber Leute mögen den Untergrund generell, also Ich denke, das ist okay Ich soll doch aufhören, so ein Zeug mitzunehmen In Erinnerung weiß ich auch nicht, was man sich dafür kaufen kann Ja, das wäre Indigosphäre, Purposphäre Wo war der NPC, bei dem man ein Zeug kaufen kann? Ich würde schwören, dass irgendwo einen gab, aber Der Untergrund ist ziemlich groß, heißt ich weiß nicht, wie weit ich danach suchen will Zwei bestätigt, okay Hmm, Nummer eins Nummer zwei Oh, das ist ein großer Oh yes Indigosphäre 21 Verbindungsfehler Wir kehren zum Titelbildschirm zurück Oh oh, wo bin ich jetzt? Ich bin wieder hier Moment Kein Untergrund für uns, wie es aussieht Zum Glück wird gespeichert, bevor man drunter geht Aber, ähm Stell mal kurz zu Verbindungsfehlern Man kommt bloß screenen und wird, äh, rausgekickt Das heißt Ich hoffe, ihr verzeiht bei mir Ich nicht vorhabe, über Emulator allzu viel Zeit da drin zu verbringen Das ist schade Team Galaktik Gebäude ewig genau Wir wollen deine Pokémon Äh, bisschen schade Aber gut Ich hab mein Teil versucht Das heißt Ich kann, äh, Stinklor Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben Zerschneider beibringen Denn Stinklor wird sowieso für nichts gut sein Ich möchte den Zerschneider auch einsetzen Dann würde ich sagen Wir, äh, können uns hier direkt mal umschauen Dieses Gebäude sieht sehr Nichtverdächtig aus Wahrscheinlich hat die Galaktik nur dieses Gebäude Er braucht mal genau Überlegung Weil ich zuerst dachte Dass sie vielleicht alle Hochhäuser in der Stadt gebaut haben Weil Leute meint, dass sie neu sind und sowas Aber Yes Warte, ist das vom Typ Geist? Stinklor und Krokodok kann die lernen Ich dachte, Trashy kann die vielleicht lernen Aber dafür hätten wir die Gibt's hier überhaupt ne Klaue vom Typ Unlicht? Ah, wir sind enttäuschend Aber okay Hallo Team Galaktik Was, LeBelle? Hallo junges Wesen Ich bin's, ich Ja Bei meinen erwandelbaren Wesen erkennt man mich immer sofort Schließlich gehöre ich ja zur Top Elite der internationalen Polizei Das ist naheliegend, dass ein jeder auf meine Verkleidung hereinfällt Und man erkennt ihn nicht immer sofort Du hast sie gerade abgelegt vor allen Leuten Und unter vier Augen möchte ich dir auch eins sagen Deine Fähigkeiten als Trainer sind überragend Es ist ja wohl klar, dass mir das klar ist Nicht umsonst bin ich eher ein Profi Aus diesem Grund denke ich nicht, dass sie groß Schwierigkeiten bevorstehen Doch solltest du immer Vorsicht walten lassen Finstere Subjekte sind überall Aber genug geplänkelt Ich hab ein Rat für dich Hier ist Stockwerk, hier hat zwei Fußgänge Aufgänge, zweifellos Ist einer immer eine Falle Dass die Ganomen von Team Galaktik sind, wie sollen wir sagen Sie sind einfach nicht so helle wie du und dich etwa Kannst bestimmt leicht herausfinden, welchen Aufgang du nehmen musst Okay, aufregend Ähm Wen trainieren wir? Ups Geben wir Trashy doch nochmal eine Chance zu glänzen Danach will ich den Stern immer wieder in die erste Stelle packen Willkommen bei Team Galaktik Willst du deine Pokémon spenden? Was? Nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück Willst du nicht? Äh Du willst doch nicht, dass dir das gleich passiert Wie dem Besitzer des Fahrradladens Was ist dem Besitzer des Fahrradladens passiert? Team Galaktik ist als Gruppe nicht an der Welt interessiert Sondern an den Sternen Deswegen wurde Team Galaktik Wir sollen mit Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen Denn eingreifen können wir daher nicht gestatten Glaubt ihr, der Weg, den sie bewachen, ist der richtige? Oh, ein Staraptor Mächtige Auswahl Aber mal schauen, ob es mächtig genug ist für Trashy Los geht's, Trashy Kopfnuss Er schreckt zurück Guck, Zugheb Uh Ja, ich glaube Trashy ist nicht stark genug für die Staraptor Wenn es nicht Bedroher hätte, würde es das schaffen Aber so? Schwierig Ähm Gehen wir selber zu Sterni Dann werden wir sehen, wer der stärkere Staraptor ist Yeah Halt dich zurück Sterni ist sehr bedrohlich Oh nein, bitte nicht, Doppelteam Das ist der nervigste Angriff Töne mir das nicht an Wir treffen auch viele Staraptor Ich weiß noch, dass ich beim letzten gesagt habe Oh, Sterni Das ist wahrscheinlich das letzte Staraptor, dass wir es so antreffen wirst Aber hier ist schon direkt das nächste Und ein Drago-Rahn Kritisch Aber wir kommen wir hin Flügelschlag Ich glaube Traoran kann auf niedrigen Level keine guten Angriffe Ich gucke euch Wicke und Windhose und sowas Oh, die Windhose ist sehr 3D Ja, das ist ein sehr, äh Ich will nicht sagen mickriger Angriff Aber doch, doch Ich glaube, das würde ich sagen Windhose ist so ein dummer Angriff Man denkt immer Oh, das ist ein Drachenangriff Der muss so cool sein, aber Er ist halt echt unnütz Und er war immer unnütz Ich denke, er wird auch immer unnütz bleiben Dabei sieht es so cool aus und sowas Aber ist einfach nur schlecht Einfach nur ein schlechter Anfänger Drachenangriff Writer Mark Hat sich doch hier und meine Angelegenheiten eingemischt Ich wünsche mich in gar niemandes Angelegenheiten Jetzt entschuldige mich Ich gehe ins Pokémon Center So viel Zeit wird doch wohl nicht sein Äh, noch sein Gute Neuigkeiten Team Galactic Ich bin zurück Ist mir wirklich leid Aber im Team Galactic ist kein Platz für Kinder Ich weiß ja nicht Und was, wenn es starke Kinder sind Und damit meine ich so stark, dass die Erwachsene verprügeln können Hätten ja dafür Platz Das ist Gesteinspuppe Dagegen kann Trashy auch nicht viel machen Setzen wir Gluta ein Der Gluta ist zum einen ein guter Und zum anderen hat Gluta ein Pflanzenangriff Und Pflanzenangriffe Wir sind ziemlich gut geeignet gegen Pokémon Vom Typ Wasser Und Gestein Das habe ich in der Trainerschule gelernt Weil war eine Lüge So viel haben sie einem nicht beigebracht Sie haben einem nie beigebracht Dass wenn, äh Man zwei Schwächen gleichzeitig erfüllt Dass man dann noch extra Schaden macht Das ist eine Sache Bei der ich mir übrigens auch für sehr lange Zeit Sehr unsicher war, ob das wirklich so ist Oder ob ich mir das nur einbilde, weil Es wird nicht so wirklich erklärt Dass das eine Mechanik ist Aber es ergibt absolut Sinn Und ein Schwalbini Nicht mein Lieblingsgegner Im Kampf gegen Gluta, aber Gluta Ist ein okayer Und dementsprechend glaube ich Dass er das schaffen wird Mit der Drachenwut Seht ihr, das ist ein vernünftiger Anfänglicher Drachenangriff Und inzwischen ist Drachenwut Nicht mehr ganz in der Lage Um Gegner mit einem Angriff zu killen Ich kann gerade echt nicht gut sprechen Drachenwut ist nicht gut in der Lage Gegner mit einem Angriff zu killen Zu dem Zeitpunkt des Spiels Aber du bist doch ein Kind Ja und ich kann Erwachsene verprügeln Es gibt starke Kinder Hast du mal Freti Flunder gesehen Erfolgsgekrönt ist dieser Pfad Sieht nicht so erfolgsgekrönt Oder? Doch, er sieht ziemlich erfolgsgekrönt aus Was ist mit dir? Team Galaktik arbeitet hart an Energiequellen Für die Zukunft Hm, es geht also doch um Verschiedene Energiequellen Die sie Angriff nehmen wollen Es war also nicht nur eine Einbildung von mir Hallo Unsere Zielvorgaben sind unfassbar So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe Ich verteidige sie trotz Bin blind gehorsam Und dir wird nichts mehr ziehen Ja Dafür, dass ihr ein paar Rüpel seid Und eure Ziele sind doch etwas kompliziert Ein Burmi Trashy Mit Burmi wirst du fertig Gott, Burmi kann ich so sehr nicht leiden Burmi ist ein dummes Pokémon Das sind viele von diesen derartigen Kokon-Pokémon Ich meine, Rokara sieht sehr ähnlich aus aus Generation 6 Aber Rokara ist besser Zum einen Es hat uns wunderbare Dienste erwiesen In Pokémon Sonne Als ich das in Asok gespielt habe Wenn ich verloren habe Denn mein Gott, war Pokémon Sonne schwer Zum einen Zum anderen Es gab die Pokémon-Karte damals von Rokara Zu EX-Zeiten Ebenfalls XY Die ziemlich cool war Es hat sogar eine Turboform Eine Herzschuppe Oh, das war es so wert Hier rüber zu gehen Aber ja, wahrscheinlich ist Rokara prinzipiell nichts Besonderes Ich bin bereit, das zuzugeben Das wäre es nice, das ist etwas Besonderes Ich bin nicht bereit, das zuzugeben Vor allem gibt es eins namens Sport Aus dem Film Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist Ich habe es einem Trainerstief jetzt Das ist bestialisch Was für ein Pokémon ist es denn? Ariadus Ich bin mir nicht sicher, ob Ariadus gut ist oder nicht Hm Ich kann mir vorstellen, dass es gut ist Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es schlecht ist Ich kann mich nur wirklich daran erinnern Dass der eine Typ von den Top 4 aus der Kristall-Edition Ariadus einsetzt Ansonsten nicht allzu viel Ich versuche übrigens echt zu schätzen, dass du nicht nochmal Nachbebel gemacht hast Das hätte gefährlich werden können für mich Schattenstoß ebenfalls nicht allzu gefährlich Gute alte Kopfnuss Es wird lebenstechnisch knapp und wisst ihr was? Es wird überlebenstechnisch zu knapp Ich investiere einen Supertrank Ein Supertrank Um mein Überleben zu sichern Was hält ihr davon? Ich bin kein unnötiges Risiko eingegangen Und es wäre vollkommen egal gewesen Weil Ariadus sowieso nur Blutsauger einsetzt Und Blutsauger Zu dieser Zeit Eigentlich ein sehr schwacher Angriff sein müsste Blutsauger war gerade mal 25 oder so Aber irgendwie war es gerade eben ziemlich okay Blutsauger bekam aber den Buff seines Lebens Zu Zeiten von Generation 6 oder 7 Auch Generation 6 war Blutsauger glaube ich gepasst Ich erinnere mich dunkel Dass ich in Omega Rubin ein Golbert hatte Welches super stark war mit seinem Blutsauger Aber ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher Es ist eine sehr dunkle Erinnerung Nehmen wir Sterni Sterni hat es sich verdient Wir forschen an neuen Energieformen Wir wollen uns dann die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen Und als Energiequelle nutzen Gemeinsam für den Fortschritt Team Galaktik Der richtige Weg ist also der An dem ein Schild steht Ich glaube der Bell hatte recht Team Galaktik ist mit keinem Dermaßen grandiosen Verstand Ausgestattet wie wir Auch wenn sie Konzepten von Raum und Zeit Folgen die ich wahrscheinlich nicht verstehe Aber dazu ist man fair Weil sie sagen Bin mir sicher Die von Game Freak verstehen sie auch nicht so sehr Das ist einfach nur Team Galaktik Weißer was sie machen Oh nicht schon wieder Sterni kann nicht viel machen Gegen Regi Steel Hier auf Sitzbank Warum gehe ich auf Sitzbank Weil ich Angst habe Dass Regi Steel sich in Luft sprengt Und Sitzbank Eine gute Verteidigung hat Stampfer Richtiger Angriff Gefällt mir nicht Moment Ähm Versuchen wir Konfustrahl Ich glaube ihr legt euch direkt Angreifen will oder verwirren Aber wisst ihr was Verwirrung ist nie eine verkehrte Sache Und da ist es Okay Sitzbank Das ist Explosion Nummer 2 Die du einfach eingesteckt hast Und da ist ein Pikachu Wunderbar Also muss ich Sitzbank doch Und weibliches Pikachu Also muss ich Sitzbank doch noch auswechseln Aber mein Gott Dieses Pokémon Dieses Pokémon tankt Explosionen Ich wünschte nur Kanoni wäre so gut darin gewesen Explosionen zu tanken Aber Es hat sich auf die Granate gestürzt Und Hat sich davon nie erholt Es ist zu mir leid Es war wirklich Es war wirklich tragisch Besonders ich ruhe mich ja Immer noch über den Verlust von Kanoni lache Aber Äh Das ist wie es ist Und das war das kleine Pikachu Und ein Quaxo Quaxo ist so ein cooles Pokémon Ich wünschte ich würde öfter zukommen Es mal zu trainieren Aber Ich komme eigentlich nie dazu Dadurch dass man Dass man immer tauschen muss Um es zu bekommen Ergibt es sich irgendwie Nie so wirklich für mich Aber an sich Mach ich Quaxo sehr Ich denke es ist Vom Design her Schau ich an wie fröhlich es ist Zu einer kleinen rosa Wange Und äh Den Kringel auf dem Bauch Der erinnert mich sehr An den Artstyle von Rayman 2 Von verschiedenen Texturen Und Wasser und so Die auch alle so ein bisschen Gekringelt sind Und äh Das weckt Erinnerungen Außerdem scheint es Keinen allzu guten Haarwuchs zu haben Damit kann ich mich auch identifizieren Es wechseln nur noch Diese kleine Haarsträhne Auf dem Kopf Und Level 22 Für Gluta Denn Gluta ist ein Besserer Als man meinen würde Bis Yeah Ich würde bis gerne lernen Ähm Ich denke wir können Schlammbombe wegpacken Ehrlich gesagt Gluta hat nämlich Einen miserablen Spezialangriff Was soll das denn werden Wenn es fertig ist Keine Ahnung Kampf schätze ich Dann würde ich aber sagen Ich sehe den Pokéball Rauchball Rauchball Äh Ist kein Pokéball Sondern ermöglicht einem Die Flucht aus dem Kampf Und gleichzeitig Ist es auch das Stimmste Smash Bros Item Äh Äh Erinnert mich an den Rauchball Aus Brawl Wirfst ihn an den Gegner Und dann raucht Den ganzen Hier gibt es bestimmt Im Moment Wirst du auch noch In Ultimate Und Smash 4 geben Aber Oh Gott Er war fürchterlich Ich weiß nicht Ich habe ihn immer gerne Auf den Gegner gebrauchen Aber Er ist halt echt dumm Dann würde ich übrigens sagen Ich gehe mal ins Pokémon Center Und teile mich auf Und dann Äh Machen wir den Rest Im nächsten Part An sich hätte ich das gerne Noch zu Ende gemacht Aber keine Ahnung Wie lange das noch dauert Und Ich will nicht Dass alle Folgen Viel zu lang werden Ich wollte eigentlich so 40 Minuten anpeilen Und nicht eine Stunde Die letzte Folge war schon Ziemlich lang Das heißt Heute Äh Müssen wir uns einfach mal Im Verzicht üben Versteht ihr Es ist die Pokémon Platin Fastenzeit Sie geht bis morgen Äh Bis nächstes Mal Äh Gute Nacht Jetzt will ich speichern Für drei Stunden Es wird bis morgen dauern Wahrscheinlich Hallo Willkommen Zurück Pokémon Platin Randomizer Nasog Challenge Beim letzten Mal Haben wir die Arena gemacht Was ziemlich gut war Ziemlich souverän gelaufen Und äh Heute werden wir noch Die Team Galactic Basis Zu Ende machen Die sie ganz unauffällig Hier eingerichtet haben Und ein Schild aufgestellt haben Auf dem steht Gib uns äh Gib uns eure Pokémon Und ich weiß auch nicht ganz Ob sie hinter dem Pokémon Diebstehen stecken Die letzte Zeit stattfinden Aber ich bin mir noch Nicht ganz so sicher Aber wir werden das Noch herausfinden Irgendwann Yeah Auf jeden Fall Sollten wir uns langsam Dem äh Anführer Der sich hier aufhält Stellen Nimm ich an Gewöhnliche Leute wie du Verstehen einfach nicht Die großen Ziele von uns Von Team Galactic Ehrlich gesagt Ich hab auch keine Ahnung Was das Ganze soll Ich glaube ich Gegen den hab ich schon Im Käft Folge den Weg Stell keine Fragen Nur so gelangst du zum Erfolg Ich mein Das ist halt wahr Oh Gott Oh Gott Poet Forest Poet Forest hat ein Enteron Sterne Du kannst endlich Vernünftig kämpfen Es ist kein Elektro-Pokémon Oder Stahl Oder Gestein X-Spezial Spezialgriff von Enteron Steigt Das könnte Unangenehm werden Ehrlich gesagt Konfusion Ja doch doch Das ist unangenehm Ich mein Das ist zum einen Nur eine Konfusion Und zum anderen Eine Konfusion Von einem Pokémon Das vom Typ Wasser ist Und nicht Psycho Warum auch immer Sie Enteron Nicht vom Typ Wasser So ein Psycho gemacht Ich vermute weil Stami und Stern Du schon Was so ein Psycho sind Ich hab das Gefühl Enteron hätte Psycho sein sollen Ehrlich gesagt Das hat mich immer irritiert Hey ein paar Pokébälle Finster Ball Hervorragend Oh das ist ziemlich schick Hier oben Nett habt ihr es hier Aufwecker Ähm Ich würde sagen Ich begebe mich nochmal schnell Ins Pokémon Center Und dann Werden wir Ähm Wer ist die Wer ist die da oben gerade Ich sage es ist Venus Wir werden die Venus herausfordern Es gab so eine Böse Anführerin Namens Venus In Pokémon Colosseum Wenn mich nicht alles Täuscht Aus dieser Untergrund Stadt Pyritus Untergrund Mir fällt jetzt auf Dass das Lied Hier ziemlich cool Es ist so Hinterhältig Und geheimnisvoll Schleichen uns in diese Basis Ich hoffe wir wurden nicht entdeckt Aber wenn wir entdeckt werden Bin ich auch bereit So zu kämpfen Die Seta gibt mir auch Sehr starke Pokémon XD Beziehungsweise Colosseum Wipe So ein bisschen Yeah Das ist die gute Stopp Was steht hier Arbeiten für den Weltfrieden Team Galactic Okay Dann machen wir das Hier Ich gehe mal Das Item mitnehmen Küstenschale Aspiror Wie geht es dir Knapp Und wie geht es dir Pi 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 Okay Warum kann ich da Einfach so durchlaufen Wo ist der Team Galactic Doch vor Warum stehen sie Unsere Pokémon Was wollen sie damit erreichen Hm Wolltest du etwas Ach wieso Freie ich so dumm Du willst die Pokémon Befreien Ja klar Als ob ich das erlauben würde Ich Jupiter Jupiter Ich kümmere mich Persönlich um dich Ich war nah dran Wenn ihr mich fragt Es ist Preschooler Cristiano Mantax Mantax hat so ein Freundliches Lächeln Es würden seine Wangen Etwas kräftig sein Oder ist die das Ein Hit Flügel Schlag Mantax müsste Relativ tanky sein Er Agilität Kannst du gerne einsetzen Ich muss ehrlich sein An der Stelle Agilität ist mir Ziemlich egal Wie anmaßend Versuch dich mal Hier ran Du Kind Das ist sehr herablassend Ehrlich gesagt Blupstrahl Das ist ein Gefühl Ich nicht leiden kann Er würde mich immer Soll es aber stark sein Könnte aber Es ist eigentlich echt schwach Hm Sie wird wahrscheinlich Trank einsetzen Aber Versuch mir trotzdem Huckzug Okay Das liegt ganz gut Wird ich sagen Voller Plan Nein 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 Der Plan ging nicht auf Der Plan war nicht gut Luter los geht's Ähm Ich schätze Ich mach einfach Drachenwut Und torf Auf das Beste Ich weiß nicht ganz Wie ich mit Palkia An dem Punkt Des Spiels Fertig werden soll Ich meine Drachenwut Drachenwut Macht die Held Nein Die sind Zitrobeere Äh Lass ich mal Einen super Trank einsetzen Und mal schauen Was der Palkia Als nächstes Für den Angriff Eins ist Vielleicht wird es Ja was dummes Sein Irgendwas Das nicht so Stark ist Vielleicht auch Nochmal Feuer Oder Ähm Okay Gluter ist Für diesen Kampf Definitiv raus Versuchen wir mal Kokodok Kokodok hat Biss und Eiszahn Feuer Oder Ich schade Macht Feuer Oder Mein Kokodok Weniger als Die Hälfte Weniger als Die Hälfte Weniger als Nein Nein Eiszahn Können wir das Doch jetzt Nicht antun Yes Kokodok Volltreffer Okay Los geht's Jetzt Bank Gebraucht Den Konfustrahl Akwawelle Oh Perfekt Das Tanke ich Ein Das tanke ich Doch im Schlaf Wobei ich Sagen muss Zwölfköpfig Schaden Von der Akwawelle Mehr als Ich mir Wünschen würde Konfustrahl Nein Oh nein Seid ihr Schwäche Gegen Stein Okay Es macht Weniger als Die Hälfte Schaden So weit So gut So weit So gut Wir sind Noch nicht Raus Nur fast Scheinwerfer Komm schon Komm schon Komm schon Yes Dann werden wir mit dem Seegesang noch ein bisschen aufgeheilt Spezialverteilung singt Das ist mächtig Das Problem ist aber Ich glaube Sie wird eine Heilung noch auf Lager haben Und das wäre nicht gut Nein Es kommt keine Heilung Yes Sitzbank Du hast es geschafft Du hast das Palkia erlegt Oh mein Gott Oh Gott Ich bin Ich bin so erleichtert Dass Ich meine Auf der einen Seite Es ist eine Schande Dass wir Sterni verloren haben Ganz klar Aber auf der anderen Seite Wir haben im Kampf gegen Palkia Nur ein Pokémon verloren Das ist gut Das ist sehr gut gelaufen Ehrlich gesagt Vor allem hat es effektive Angriffe gegen die meisten meiner Pokémon Hui du bist ganz schön zäh Macht aber nichts Unsere verunterne Untersuchung der Pokémon Statue ist beendet Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert Wir sind ja fertig Aber eine Sache verrate ich dir Unser Boss erforscht die alte Pokémon Mythologie Mit der Macht der mythischen Pokémon wird er ganz Sinn beherrschen Also kommt Team Galactic nie wieder in die Querde Klar Das ist meine letzte Warnung Ich habe meinen Pipi zurück Und das ist alleine dein Verdienst Die Team Galactic Sie haben gesagt Pipi kommt aus dem Weltraum Her damit Was für eine Krude Logik Als kämen sie selbst aus dem Weltraum Jedenfalls sind sie jetzt weg Vielen Dank Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei Weil du daneben bist Das ist ein Alien Das will ich mitnehmen Ich habe ein Video über Pokémon Die aus irgendwelchen Gründen Aliens sind gemacht Falls ihr euch wundert Falls ihr interessiert seid Es sind ein paar überraschende Aliens Und ein paar weniger überraschende Gehen wir weiter nach unten Und dann würde ich sagen In seiner Zeit Sterni Sein wohlverdientes Begräbnis zu geben Es ist nicht optimal Aber es ist gelaufen Wie es gelaufen ist Wir haben diesen Kampf gewonnen Und diesen Kampf konnten wir nur gewinnen Dank dem Opfer von Sterni Ansonsten wäre das Ganze Oh hey 9898 Schritte Ansonsten wäre das Ganze Schlicht und ergreifend Nicht möglich gewesen Vermute ich einfach mal Ich meine ich hätte ja nicht gewusst Wann Das Item abnehmen Fokusband hat ja viel gebracht Hätte ich gewusst Dass es sonst Antikkraft einsetzen kann Ich weiß nicht Es lief nicht gut Aber ich weiß nicht Wie ich es wirklich realistisch hätte Verändern sollen Ich wusste nicht Dass Palki Antikkraft kann Also ich hätte wissen können Denn alle Linien an Pokémon können gefühlt Zu der Zeit Antikkraft Aber Sterni Uns hätte eine große Zukunft Für vorstehen können Ich denke Wäre dieser Vorfall Jetzt gerade mit der Antikkraft Nicht vorgefallen Hätten wir uns bei den Top 4 noch Wären wir bei den Top 4 Noch Seite an Seite gestanden Aber Wie es aussieht Kommt Unverhofft Manchmal oft Und dein Ende Früh Sterni Es war meine Ehre An deiner Seite Zu kämpfen Ich hoffe Ich werde eines Tages Wieder die Freuden Eines Staraptors Genießen dürfen Okay Wie fühle ich jetzt diese Leere in meiner Seele Erstmal ins Pokémon Center gehen Und dann holen wir uns ein Fahrrad Hey Das ist das Hasbiroh Das entführt wurde Ungünstig Absolut ungünstig Vor allem Brauchen wir eigentlich An sich Ein Flug Pokémon Aber gut Fahrradladen Das ist nicht der Fahrradladen Das ist der Das ist der alte Untergrund Mann Wo warst du eigentlich bei Team Galactic Warum machst du eigentlich nie was außer durch die Gegend laufen Wo bist du ja Ich habe dich schon gesucht Hier habe ich nämlich was Schönes Das ist ein Pokémon Eis Möchte ich dir gerne geben Bitte nimm's Okay Nein Ich habe gerade Platz Frei Spitze Das Pokémon Eis mit Sicherheit Auch glücklich Ich weiß es einfach Du wirst ein zusammen mit deinem Pokémon Auf deinen Reisen Mit Eines Tages mit den Pokémon Aus ihm schlüpfen So wird sich eine weitere Seite Des Pokédex füllen Welch schöner Gedanke Bis zum nächsten Mal Das Das ist Das ist schon fast poetisch Wir haben Sterni verloren Aber Ein Ei gewonnen Das Leben nimmt Und das Leben gibt In dem Fall gab es Sonst ein Ei Und ein Pipi Hallo Ich weiß übrigens nicht Ob das Ei randomized sein wird Und ich weiß auch nicht Was da generell Keiner mit sich ausschlüpft Wahrscheinlich Togepi Aber wir werden sehen Vielleicht auch mal ein Fax Und das wird ziemlich cool Ich weiß es nicht Danke dass du mich gerettet hast Lass mich dir etwas schenkt Das altneueste Fahrradmodell Bitte nimm es Ich bestehe darauf Fahrrad Es ist das neueste Modell Ich lese die Gebrauchsanweisung vor Drücke den B-Knopf Um die Gänge zu wechseln Im ersten Gang bist du nicht schnell Aber du hast alles unter Kontrolle Im zweiten Gang ist die Steuerung Schwillige aber du bist sehr schnell Danke alter Mann Dafür Dafür war es mir War es mir das wert Dass einer meiner Freunde gestorben ist Für dieses Fahrrad Registrieren Dann würde ich sagen Ja das ist schnell Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell Au Vielleicht fahre ich ein bisschen langsamer Aber wir können Route 211 noch weiter anschauen Du schon wieder Geh mir aus den Augen Lass mich in Ruhe Ich will nichts mit dir zu tun haben Du hast schon so viele Pokébälle Verschlungen von mir Weißt du was Ich fliege einfach Was liebeste ein Hit Ich wünsche ich wäre noch ein bisschen im Kampf geblieben So schauen wir uns doch hier ein bisschen um Hier gibt es doch noch ein paar Trainer Und da ist irgendwas wo ich vielleicht was fangen kann Siehst du ein Kraterberg über uns So riesig möchte ich einst auch sein Was? Willst du groß wie ein Berg sein? Okay Nein Ja es kann durchaus einer deiner Wünsche sein Aber Sollte es einer deiner Wünsche sein Das ist die beste Frage Weil Reißer hat eine ziemlich hohe Spezialverteidigung und Verteidigung Also versuchen wir einfach mal unser Glück mit der Drachenwut Und schauen wie viel Schaden wir damit austeilen Ich würde übrigens fast sagen Das ist eine Sache die mir letzt wieder aufgefallen ist Dass wir ein relativ mächtiges Tool zu unserem Vorteil einsetzen werden Nämlich das Tool das Ich kann vorspulen Und ich denke ich werde einfach mal Soweit die Route hier von den Tränen erklären Und dann Sehen wir uns wieder Wenn das Ganze erledigt ist Das für uns werden wir ewig nicht fertig Wenn ich ja Wirklich jeden einzelnen Kampf in seiner Gänze drin lasse Vor allem wenn es so belanglose Trainer sind Das könnte kritisch werden Ja Das wird schon gut gehen Ja kein Problem Erzeuge keine Energie Moorrabbel Das ist das Wichtigste Denn dann bin ich tot Und ich möchte nicht noch ein Pokémon wegen Geduld verlieren Sonst verliere ich langsam die Geduld Analyst Marshal Rags vor mir wie eine gigantische Erscheinung auf Das ist vielleicht öfter Wahrscheinlich auch noch jemand dabei der Zertrümmerer kann Nein Ähm Wer bringe ich Zertrümmerer bei Ich möchte Zertrümmerer niemanden beibringen Aber Man Trashy Kann bisher noch Äh Nur einen Angriff der für irgendwas gut ist Das heißt ich schätze Zertrümmerer ist okay Ist vielleicht sogar ein Update für sein Moveset Aber wahrscheinlich nicht Und dann würde ich sagen Wir kümmern uns um die Route Und damit meine ich mich Und wir werden sehen Was ich alles sehen werde Ich melde mich wenn was interessantes passiert Oder wenn ich fertig bin Oh Regen Äh Sitzbank will Regentanz lernen Äh Ich würde sagen Nein Regentanz könnte man Gegner stärker machen Das wäre ein Fehler Faunerstatue Okay Das ist eine fast interessante TM Und äh Ich glaube ich bin fast am Ende der Route Soweit Die äh Ich dachte die ging noch ein bisschen weiter Waren wir schon mal im Kraterberg Nein ernsthaft Waren wir schon mal im Kraterberg Habe ich im Kraterberg einen Pokémon gefangen Ich glaube nämlich nicht Hey Eine Tamotbeere Die basiert auf einer Tamote Ich meine auf einer Tomate Oh Okay Ich meine Das erklärt sich von selbst Dass wir das mitnehmen müssen Würde ich sagen Äh Wie schwäcke ich es am besten? Ich traue mich nicht Es zu sehr zu schwächen Ich habe nicht das Gefühl Wenn ich versuche es zu schwächen Wird es direkt schief gehen Versuchen wir also Ein Pokéball zu werfen Das geht ebenfalls direkt schief Ich denke ich schicke Trashy rein Trashy wird ein paar KP entfernen können Ohne es direkt umzubringen Ich meine Sitzbank mit Scheinwerfer wahrscheinlich auch Aber Ich weiß nicht War bloß nicht unbedingt ein Pokémon mit Viel Verteidigung Ja okay Das ist ehrlich gesagt Noch ein gutes Stück weniger Demage als ich gedacht hätte War nur kein Volltreffer Trashy Okay War bloß hör auf Zunächst war es ja noch lustig Aber hör auf Okay Hör auf Die Frage ist natürlich Werden wir War bloß ins Team nehmen? Ähm Schwer zu sagen Ehrlich gesagt War bloß kann halt Null brauchbare Angriffe Und es hat sehr niedrige Stats Das heißt So sehr ich den Gedanken auf Mark Aber wir sind zu weit Im Spiel vorangeschritten Um ein Pokémon wie War bloß Wirklich noch einsetzen zu können Ohne nur Verlust hinzunehmen Und wir haben immer noch Trashy Den wir mitschleppen müssen Aber Wir werden es auf jeden Fall Auf der Band behalten Und schauen wir Später vielleicht Weiterentwickeln können Es kann nicht Es kann nicht entspannen Wenn es unter seiner Umgebung Dreckig ist Säubert alles mit den Flügeln Ah ich wünsche Ich hätte ein War bloß Auf sehr vielen Ebenen Und äh Gemäß der alten Tradition Der War bloß Und Altaria In Pokémon Randomizer Nasdaq Challenges Müssen wir es natürlich Flauschi nennen Das Flauschigste aller Sauber macht Pokémon Nehmen sehr wohl wahrscheinlich Weiß nicht ob es sehr wohl So flauschig ist Aber es macht eine Menge Sauber Ja hier können wir nicht weiter Dom Fossil Okay Nimm mal das mit dem Fossilien Ich würde sagen Dass ich mir nur eins holen darf Ehrlich gesagt Oder darf ich mir überhaupt eins holen Ich glaube ich wäre generell dagegen Hm Hm Ich weiß nicht Bin mir gerade wirklich unschlüssig Aber Wir ignorieren das Ganze einfach mal Ich glaube ich war in dem Haus nicht Und dann können wir noch eine Runde Über den Radweg fahren Ich glaube beim Radweg Will ich vorspulen Eben genau wurde zu Ende Eines Pokémon des Altertums erbaut Vieles hat sich seitdem geändert Aber das Wichtigste blieb erhalten Ich hoffe das bleibt auch so Hast du hier Pokémon Statue gesehen Als ich ein Kind war War sie der Mittelpunkt Vieler Fester und Feiern Also wirklich Hier geht aber auch alles In Bach runter Jemand hat das Schild Vor der Pokémon Statue abgerissen Diese Vandalen Jetzt kann doch niemand Mehr die Inschrift lesen Wieso macht jemand so etwas nur Hey ich kann dir sagen Was auf dem Schild stand Willst du es wissen Yeah Die erste Inschrift lautete ungefähr so Schöpfung von Dialga Meister der Zeit Im Lachen steckt Weiden Und umgekehrt Die gleiche Zeit fließt Der Segen von Dial Tja Irgendwie habe ich ganz schön viel vergessen Soll ich dir verraten Was die andere Inschrift besagte Ja Zweite Inschrift lautete so Oder so ähnlich Geburt von Pall Schöpfer der Paralleldimensionen Lebendig und doch nicht Risse im Raum Dem selben Universum Zu den Segen von Pall Manche behaupten Äh manche behaupten Ja es gebe doch eine dritte Inschrift Ich weiß nicht Was ich von der Theorie zu halten habe Denk mal darüber nach Ein drittes Pokémon Erseite der beiden Die Raum und Zeit kontrollieren Es gibt einfach kein Pokémon Das so mächtig sein könnte Da sagst du was Was soll denn dieses Mysteriöse Wunder Pokémon sein Soll das etwas Seine eigene Welt erschaffen Sicher Zeit für den Radweg Radweg Und schauen wie der Radweg Hier sein wird Ich erinnere mich Erinnere ich mich an den Radweg Ich bin mir gerade so unsicher Weißt du aber wo es eine Höhle Zur rechten gibt Die man sehen kann Wie auch immer Schwimmen wir vor Oh Trashy versucht Schlitzer zu lernen Nein machen gleich viel Aber Schlitz hat noch eine Volltrefferquote Und ist damit natürlich überlegen Okay Ich habe den Radweg abgeschlossen Das wurde gegen eine noch relativ knapp Tatsächlich Was wäre ein Fahrrad ohne Schmuck Du brauchst deine Fahnen Das ist ein Pokémon Accessoire Oh cool Ich dachte für mein Fahrrad Aber okay Ich habe lieber die Fahnen am Fahrrad Ich habe nämlich kaum mehr Ich habe mit der kaum mehr Supertränke Ich hatte gar keine übrig Und es hätte schief gehen können Und man kann da rechts entlang Das heißt ich habe mich an den richtigen Radweg erinnert Lass mich noch die Bären mitnehmen Und dann sind wir direkt auf dem Weg zur nächsten Stadt Ich würde fast sagen Wir schauen uns die Stadt da noch an Was sie alles für nette Dinge zu bieten hat Und dann im nächsten Part Dann werden wir neben dem Radweg mal entlang gehen Route 207 Oh wir sind hier Oh nein Ich muss kämpfen Oh das ist äh Nein Meine Pokémon sind zu geschwächt Okay Pass auf Ich gehe zurück ins Pokémon Center Moment 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 Hier ist ein Pokémon Center gleich in der Gegend Und zwar äh hier Richtig Erzelingen existiert Sollte man nicht unterschätzen Und nicht vergessen Puh Okay Ist ja was Das ist eine Sache Die ich äh Ich sollte nicht vergessen Dass ich das hin und wieder machen kann Einfach ein paar Kämpfe vorspulen Ich habe nicht das Gefühl Sonst gibt es gewisse Stellen im Spiel Die äh Für die Videoreihe an sich Etwas sehr zäh werden Es sind einfach nur Kämpfe In denen nichts passiert Wie zum Beispiel auch Als wir im äh Ewigwald waren Aber das bekommen wir so weiter hin Hören wir uns hier noch ein bisschen um Ein 2 gegen 2 Kampf Okay Dann mal los mit dem Pokémon Auch ich werde mein Bestes geben Ich auch Auch für den Kampf mit dem Pokémon Auch ich trage mein Teil bei Warum sage ich die ganze Zeit Das ist mein Pokémon Das ist ein bisschen seltsam Aber okay Ghost Rider wollen kämpfen Torekiss und Flagmon Das ist ein Team Sitzbank und Krokodok Das ist doch ein besseres Team Wir machen Hydro Pumpe Auf Torekiss Und bis Auf Flagmon Der Flagmatiker Wird jetzt gebissen Wenn wir sehen Ob er sich nicht mal Aufraffen kann Uh Torekiss hat zum Glück Mehr Spezialgriff Als ich dachte Okay Das war Bedenklich Das hat Dann gedacht Na Moment Ich kann ja gar keine Super Tränke kaufen Im Ärztling verkauft Sie nur normale Tränke Und die sind nicht so hilfreich Mikro Pumpe Das Problem ist Das Problem ist Das Torekiss schneller ist Als Meine Pokémon Komm schon Sitzbank Regeneriert viele Leben Ist nicht viel Okay Ich werde nicht Auswechseln Moment Moment Was mach ich da Wir werden da was anderes machen Und zwar haben wir Wo sind die Bären Da Weil ich hab keine Sinebäre Doch da sind sie Okay Sind nur in einer anderen Kategorie Ich war schon Sehr verwundert Wenn sie erst mal Sinebäre gegessen hat Sollte es auf jeden Fall Noch einen Aura Stoß Überleben Und dann mach du Einen Eiszahn Äh Aurasphäre Mach ich natürlich nicht Aura Stoß Den würde ich nie Üchneinander bringen Ich glaube Aura Stoß Existiert nicht Aurasphäre war damals Aber ein relativ Interessanter Angriff Zum einen Weil jedes Puppen Angriff lernen kann Und zum anderen Weil es ein Spezieller Kampfangriff ist Davon gibt es Gar nicht mal so viele Daneblicherweise Sind spezielle Angriffe Unter Kampf Die schließen sich aus Ähnlich wie Psycho Unter physische Angriffe Ich weiß es gibt ein paar Wie die Psychoklinge Aber nicht viele Ich weiß vielleicht Gibt es inzwischen mehr Keine Ahnung Aber damals Gab es nicht so viele Ich bin nicht ganz Up to date Was Angriffe angeht Denn Ich weiß nicht Ob es euch aufgefallen ist Aber es gibt Wirklich viele Angriffe inzwischen Gleich ist es soweit Gleich sind wir bei der 11111 Ich hoffe Ich glaube ich will Die Anzeige Ehrlich gesagt Lassen Ich meine Die hilft tatsächlich Wenn man sieht Wie geschwächt Und gestärkt Alle Pokémon sind Ich wollte sie nur Hauptsächlich nicht machen Weil Ich habe Rahmen gemacht Und dieses Teil Und dieses Teil Lässt mich ein bisschen Dumm darstellen Mit dem Rahmen Weil man sich die Frage Stellt Wofür ist der Rahmen An dem Ich weiß es doch auch nicht Er ist bunt Das muss reichen Ich trete das ganze Jahr über Shorts Ich habe ja jede Menge Energie Oh das ist die Rückkehr Des Shorts Jungen Nicht ganz so gut Wie in Generation 1 Jetzt aber Oh nein Äh Äh Ich meine Ein Unlicht Pokémon Ist jetzt nicht so schlecht Gegen Lugia Ja das ist ein Angriff Da ist der Wirbelwind Nicht Stinklor Nicht Stinklor Nicht Stinklor Aber das ist gut Okay Sitzbank Zeit für einen Konfustrahl Oder eine Anhydropumpe Man darf nie den Konfustrahl vergessen Lugia sieht einfach so cool aus In den Sprites Yes Seht ihr Das wollte ich sehen Hydropumpe Was nochmal Yes Aber aktuell Anfangs war die Verwirrung Nicht auf meiner Seite Aber aktuell Ist sie dafür Umso hilfreicher Aquabelle Feigling Hey Oh Oh Das ist ein guter Spielzug Gegen Gewaltrow Kann mein Äh Kann meine Sitzbank Nicht allzu viel machen Hehehe Und da ist schon die Verwirrung Ah Wen setze ich ein Guter Trashy Machen wir Trashy Trashy Und Gewaltrow Sollte nichts allzu starkes Gegen Trashy haben Und es ist noch verwirrt Den wir auch nicht vergessen Kommt schauen Hehehe Und da sind guten Schaden Nicht die Verwirrung Schlitzer Leider kein Volltreff Aber trotzdem Guter Schaden Gewaltrow Hat keine gute Verteidigung Okay das ist Aktuell muss ich sagen In diesem Kampf Die Verwirrung Carried uns schon Ziemlich hart Durch das Ganze Ja da kann ich Nicht viel gegen sagen Level 23 für Trashy Noch 11 Level Ups Und wir haben es geschafft Also hier kommt wieder nur Jeweils ein Punkt Pro Stat dazu Das ist nicht gut Ja ich sollte Trashy Einfach ignorieren Und später in den EP Teiler geben Ehrlich gesagt Und hier sollte ich einfach Den Imperator Imperator einsetzen Den Krokodok Krokodok Denn der Krokodok kann Biss Was Trashy aus irgendwelchen Gründen Nicht kann Ich weiß nicht Wo man das Kann es auf jeden Fall nicht Aber ja ich habe den EP Teiler Das sollte ich wirklich Nicht vergessen Denn ich habe es bis gerade Eben wieder komplett vergessen Da dachte ich mir Ach ja Der existiert Und wir haben ihn auch schon Turbodreher Mächtiger Angriff Lange Zeit wusste ich nicht Wofür Turbodreher gut ist Aber Er ist da um Tarnsteine Und Stachle Und sowas zu entfernen Das heißt Er hat durchaus einen Zweck Auch wenn es ein absurd Schwacher Angriff ist Ich weiß gar nicht Ab wann er den Effekt hat Weil Tarnsteine Sind doch eigentlich Relativ neu Wenn mich nicht alles täuscht Keine Ahnung Okay Lugia Da bekommt es gleich Die Erfahrungspunkte Alle die gegen Lugia Mitgekämpft haben Oder einfach nur Alles Krokodok Ich habe das Gefühl Dass Krokodok Eventuell direkt alle bekommt Ja Er hat einfach nur Den letzten Angriff gemacht Aber 100% Die Erfahrungspunkte Für Krokodok So Was haben wir Wir haben hier eine Menge Trainer Wir haben hier eine Menge Trainer Warum haben wir so viele Trainer Eine Durinbeere Die haben wir schon Ich würde sagen Wir werden die Route Noch soweit abschließen Es sind so viele Trainer Hahaha Lachen erhöht den Glücksfaktor Das stimmt Ich habe in diesem Part Überhaupt nicht gelacht Lass uns sehen Wie das mit der Verwirrung Gelaufen ist Es lief gut Okay Trashy Dann Bring mal den Müll raus Damit meine ich Krabi Herdner Warte Warum habe ich Trashy noch An erster Stelle Warte Wir wechseln jetzt raus Das ist dumm Ich habe mich schon darauf geeinigt Dass Ich habe mich mit mir selbst Schon abgesprochen Und ich habe beschlossen Das mich auf den EP-Teiler Zu verlassen Dass das viel sinnvoller wäre Als es so zu trainieren Warum hatte ich es dann noch An erster Stelle Und hat schon wieder Komplett vergessen Und du frisst den Drachenwut Dieses Krabi Ist fest wie ein Stein An dem Punkt Das Problem ist aber Fest wie ein Stein Schützt nicht Gegen einen Angriff Der immer 40 Schadenspunkte macht Libiskus Ich sehe schon Dieser Wanderer Hat einfach nur Die mächtigsten aller Pokémon Das macht Beschwörung Ich schütze das gegnerische Team Vor Volltreffer Oh Okay Nein Das ist nett Schätze ich Für irgendwelche Situationen Ach Warum ist das überhaupt orange Müsst du jetzt nicht Einen rosa Ton haben Vielleicht ist das ja Ein shiny Libiskus Aber scheinlich nicht Ah Pokémon von regulären Trainern Können Soweit ich weiß Da bin ich mir relativ sicher Dass sie nicht shiny sein können Was hier doch shiny sein können Dann sind manche Pokémon Denen man in der Kampfzone begegnet Aber Das ist eine seltene Sache Es kann aber passieren Ich weiß auch nicht Ob es da bei jedem Modus der Fall ist Drachenwut Lässt dich nicht Von dieser Schildkröte Einschüchtern Turtok hat auch So ein schlichtes Aber cooles Design Ich hatte früher mal Turtok Plüscht hier Und Ich vermisse es Das war ziemlich cool Glaube ich Ich fand es damals cool Ich denke nicht Dass es wirklich cool war Aber Ganz cool Das hätte ich gerne wieder Ich habe das Gefühl Das existiert nicht mehr Inzwischen Zumindest wüsste ich Beim besten Willen Nicht wo Und ein Knack Leon Das sind einfach alles Pokémon Die Schwäche gegen Pflanze Haben Vielleicht sollte ich dann auch Mal einen Pflanzenangriff Einsetzen Das Problem ist dann Das Megasauger Halt echt schwach ist Megasauger wäre okay Aber Megasauger Ich meine das war ein Erfrischender Snack Soweit Um mein Leben Ein bisschen aufzufüllen Aber generell Näh Näh So weit so gut Damit hätten wir Diesen Kampf überstanden Warum muss er jetzt Auch vier Pokémon haben 297 Erfahrungspunkte Analyst Tristan Haha ich muss lachen Ich kann nicht anders Mir ging es ähnlich Als ich dein Team Vor mir gesehen habe Wäre ich gesagt Ich musste lachen Ich konnte gar nicht anders Äh Das da unten habe ich schon mitgenommen Ja genau Es war eine Durin-Bere Das heißt Wir haben hier oben Noch einen Wanderer Und wir hätten sie noch Dann würde ich sagen Wir machen die beiden noch Und dann sind wir fertig Für heute Okay okay Lass uns schnell zu Ende bringen Okay Das wird tatsächlich Auch mein Plan Ich bin also ein Nein Nein Ich meine Lugia kann in dem Fall Noch keine guten Angriffe Aber Los geht's Krokodok Krokodok Wir brauchen deine Hilfe Bodyguard Okay Das ist Kein Angriff Den ich von einem Lugia Erwarten würde Aber soll mir recht sein Dann werde ich dir Den Kopf abbeißen Mit bitterkalten Zähnen Und das macht Wirbelwind Hat Lugia überhaupt angegriffen Auch das Angegen Dass wir gekämpft haben Wie wäre es Wenn wir nicht Stinklor Gegen Lugia Kämpfen lassen Ich weiß nicht Ob Lugia Einen Angriff hat Aber Wer ist auch Einen winzigen Angriff hat Wird ja ausreichend Um Stinklor zu besuchen Sag mal Können wir das bitte Jetzt nicht so weitermachen Wäre das möglich Das fände ich nämlich Echt cool Okay Trashy Ich hoffe du bist bereit Schlitzer Aber jetzt auf einmal Greifst du an Winzschuss ist aber nicht so stark Muss man fairerweise sagen Der Schlitzer aber auch nicht Okay komm schon Wir machen es jetzt nochmal Krokodok Wir brauchen deinen Eiszahn Im Kampf gegen einen Lugia Ja will ich auch hoffen Dass das Filz schlägt Eiszahn Der war mein Bodyguard Was auch immer Das war ein zäher Kampf Er hat ungefähr Lugia hat ungefähr Mein gesamtes Team Einmal reingeholt Und es konnte trotzdem Nicht einpucken und besiegen Das war erbärmlich schwach Level 5 für Stinklor Level 6 für Stinklor Level 7 für Stinklor Level 8 für Stinklor Und für mehr reicht es nicht Und ein Arbok Bock Hat den Bedroher Bisschen nervig Aber ich denke damit werden wir fertig Eiszahn Oh behalte bitte Direkt mal den Kreideschrei bei dir Giftblick ist genauso nervig Was ist das mit Bedroher Kreideschrei und Giftblick Hör auf Lass mich in Ruhe Eiszahn Komm schon Eiszahn Säure Eiszahn Okay Damit werde dieser Kampf Überstarren Ich will ehrlich sein Zwischenzeitlich Habe ich vielleicht Ein wenig Flüssigkeit Über meine Hose Verschüttet Es lag aber an den Getränken Und nicht an dem Kampf Ich hätte nichts dagegen Wenn der Lugia Faktor Vielleicht ein kleines bisschen Zurück gehen würde Ein ganz kleines bisschen Ein kleines winziges bisschen Weniger Lugia Kommt gerade aus dem Kraterberg Aber Energie ist noch nicht verbraucht Das werden wir sehen Und den Kraterberg Werden wir dann beim nächsten Mal aufsuchen Würde ich sagen Sherox Das ist ein vernünftiges Pokémon Damit kann man was anfangen Der gute alte Katta Drachengut Katta bereitet sich vor Mit Energiefokus Aber ich Ich wüte Mit 40 Schadenspunkten Auf einmal Und wie immer An diesem Punkt Immer noch Eine sehr gute Wahl Im Kampf gegen die Gegner Ich weiß nicht bis zu welchem Level Welcher Drachenwut Noch effizient sein wird Meine Schätzung war Bis Level 30 Inzwischen würde ich Wahrscheinlich Level 25 Aber Das ist trotzdem noch Eine gute Menge Dafür Wir konnten jede Menge Nutzung aus Drachenwut ziehen Das war eine Menge Mehr Formspunkte Pokémon Pokémon Die einfach Schnell sind Und viel Angriff Und viel Angriff haben Auch wenn sie wenig Aushalten Aber sie müssen einfach Nur den Gegner killen Bevor er dazu kommen kann Anzugreifen Das ist der Sinn Und ich denke das ist Ziemlich cool Und dafür stickt sie in Erstklassiges Pokémon Obst Das war wohl keine schwere Sache Das war keine schwere Sache Für mich zu gewinnen Landsatbäre Denn da muss ich sagen Ja Hab schwere Kämpfe ausgetragen Nichts für ungut So Dann gehen wir ins Pokémon Center Und beim nächsten Mal Stellen wir uns im Kraterberg Und soll dann denke ich Auch in der nächsten Stadt ankommen Im Idealfall Wie sieht es eigentlich Mit dem Pokémon Ei aus Man kann schon etwas hören Bald wird es schlüpfen Oh wirklich Ich bin so viele Schritte Zurückgelegt Mein Gott Wie die Zeit verfliegt Okay Nimm meine Pokémon In den Obhut Alle 5 Ich hoffe das Was aus dem Ei schlüpfen Randomized Und ich bin mir da echt unsicher Ich glaube es wird Standardmäßig sein Aber man schauen was es wird Und je nachdem Wer ich da entscheiden Ob er es Regelkonform ist Zu behalten oder nicht Je nachdem Was ich so haben will Oder eben nicht Und dann wollte ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Pokémon Platin Randomized or Nazo Challenge Und beim nächsten Mal Kraterberg Äh bis dann Und gute Nacht Hallo Und willkommen zurück zu Das ist der falsche Knopf Nein Äh Hi Willkommen zurück zu Pokémon Platin Der Randomizer Nazo Challenge Oh wir sind in Erzlingen Ich dachte ich wäre schon weiter gekommen Da ich mich wohl getäuscht Fahren wir hier nach oben Und habe ich die Bären hier mitgenommen Ich habe die Bären nicht mitgenommen Ich wusste doch Dass es irgendwo noch welche gab Und die müssen wir mitnehmen Und ja Beim letzten Mal Haben wir ein paar Trainer vorbereitet Ich habe den Radweg gemacht Ich habe generell ein paar Meter zurückgelegt Und heute Werden wir in den Dingensberg gehen Das Name wieder entfallen ist Moment Das ist der Tipps für Trainer Nein Wie heißt der Berg Es ist der Nein Ich will da rein Ach irgendwas ist fantastisch Und hoffnungslos Ja so Das fühle ich auf jeden Fall So geht es mir auch öfter Aber um mich geht es gar nicht Ich habe hier etwas Schönes für dich Öpi Männlich Welcher soll es sein Links Verstehe Du willst den Kampfwander Ich bin beeindruckt Öpi Männlich Du weißt eben worauf es ankommt Wir haben den Kampfwander Wenn du den Kampfwander Kannst du Rückkampf Rückkampfwillige Trainer finden Oh Das gibt es auch schon in dem Spiel Oh Das könnte relativ hilfreich sein Wenn wir später Fliegen können Das alte Radar Zeigt dir unsichtbare Items Uuuuh Okay Item Radar Ist im Konzept Der Randomizer Ziemlich stark Jetzt versuchen wir das Ganze Wäre da auch jemand Oder ein paar Leute meinten Hey Einer meint das Zumindest in den Kommentaren Hey Vielleicht solltest du Versteckte Items Auf dem Boot mal aufheben Aber das Problem ist Ich war Lärmrauch Das Problem ist Ich weiß nicht wirklich Wo welche liegen In der In Generation 4 Deswegen Oh Hilf das auf jeden Fall Ungemein weiter Ich vermute Dafür muss ich da rüber Moment Da ist das Bekomme ich hin Wie komme ich da rüber Muss ich hier unten Ich muss hier unten entlang Hier noch mehr Ja mal schön drauf drücken Das Item Und da funktioniert es so Dass ich hinklicke Und dann wenn irgendwo Ein Bereich Ein unsichtbares Item ist Dann wird dann Punkt angezeigt Oh Hier zum Beispiel eins Vielleicht soll ich das Ohne Fahrrad machen Hey 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 Ich wollte gerade sagen Steinknochen Ich wollte gerade sagen Dass du hier noch irgendwo bist Was ist ein Steinknochen Wir werden es herausfinden Aber erstmal Oh Über mir Oh Unter mir Nein Was Eins weiter Da ist es Die Wikibäre Okay Was war der Steinknochen 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 Komm schon Dieser Knochen Erfreut jeden Pokémon Archäologen Erst von hohem Wert Okay Ist hier vermutlich Irgendjemand Oh Wahrscheinlich ist im Untergrund Ein Archäologe Der für sowas mehr zahlt Das würde Sinn ergeben Ehrlich gesagt Ich kann mir das gut vorstellen Habe ich im Kraterberg schon Pokémon gefangen Ähm Puh Äh Habe ich oder habe ich nicht Lass mich kurz auf die Karte schauen Wollen wir schon mal im Kraterberg Ich bin mir gerade so unsicher Kraterberg ist hier Hier Rechts von Ewe Genau War ich da im Kraterberg Doch war ich Doch war ich Das war da wo ich schnell vorspulen wollte Und dann sehr schnell mit dem Vorspulen am Ende war Nesbal Der ist ja gar nicht mal so hilfreich Aber okay Ich werde mich nicht beschweren darüber So Ähm Wie werde ich am besten Diese Gegend hier durchqueren Ich denke Ich werde am besten Nicht Pokken gegen wilde Pokémon kämpfen Oder will ich Schutz einsetzen Ich glaube ich setze Schutz ein Ehrlich gesagt an dem Punkt Ich meine Level 18 Wilde Pokémon Komm schon Wir haben ordentlich ewig Zeit Für alles Und wir sollten ja auch noch Eine Menge Trainer antreffen können Also werde ich mich da auch mal Mental so ein kleines bisschen vorbereiten Na es ist Drachenwut ist nicht mehr der One-Shot-Angriff Der es mal war Das macht mich ein bisschen traurig Das Leben war einfach so viel einfacher Als ich Drachenwut gemacht habe Und einfach jeder Gegner direkt gestorben ist Das waren Zeiten Da haben wir eine Erinnerung gemacht Wenn ich nur dran denke Level 26 für Gluta Leider Gluta immer noch keinen guten Angriff gelernt Was ein bisschen kritisch ist Und Sitzbank ist vom Level ein bisschen zurückgefallen So Lass mich Schutz einsetzen Oh übrigens Ich habe Eigentlich das im Part Letztes Mal noch geschaut Oder ich glaube es war eigentlich Nach dem Part erst geschaut Das Ei gibt bereits Geräusche von sich Das heißt Da wird in absehbarer Zeit Dann auch mal was ausschlüpfen Aha Hier liegen so viele Items rum Frage ist Wie viele will ich mitnehmen Und wann will ich einsehen Dass es zu viele sind Und das Ganze aufgeben Rosenrauch Die Sache ist Es sind dann gute Items Das ist das Problem daran Oh hallo Laut einer Theorie Wurde der Kraterberg als erstes In Sinno geschaffen Als erstes geschaffen Du weißt nicht ganz Wie Berge entstehen Oder In einer neu erschaffenen Welt In einer Welt Wo nur die Zeit floss Und der Raum sich dehnte Sollte es keine Zwiste geben Doch was wurde aus dieser Welt Durch die Schwäche Des menschlichen Geistes Verbreitete sich Streit Die Welt wird durch Streit Zur Grunde gerichtet Es ist eine sehr traurige Geschichte Na cool Äh Ich mach damit Mein Pokerer Da mal weiter Schätze ich Das ist sehr traurig Stell dich mal vor Euch kommt so ein Typ entgegen Erzählt euch sowas Was soll man denn nun davon halten Route 208 ist neu Okay Also ernsthaft Was soll man davon halten Ich weiß es nämlich wirklich nicht Schau mir auf jeden Fall Sehr verwirrend zu sein Wenn ich gewinne Teilst du dein Essen mit mir Ähm Nein Ich hab lange Und sorgfältig Darüber nachgedacht Und ich Hab mich dazu entschlossen Dass ich mein Essen gerne Nicht mit dir teilen würde Was wollen wir am besten Gegen Nachtara Wahrscheinlich das gleiche Wie jedes Mal Wir beginnen mit dem Konfustrahl Und dann Ehydro pumpen wir eine Runde Schauen dass es gut geht Oh Und ich muss Trashy Noch den Giftschleim geben Das ist eine Sache Die ich komplett vergessen hab Weil ich wusste Dass ich es einem Giftpuppen Geben will Und geben muss Wenn dann Und dann hab ich eins bekommen Und ich hab den Giftschleim Einfach komplett vergessen An dem Punkt Oder Ich wollt grad sagen Das ist so guter Damage Gegen Puppen Mit relativ hoher Spezialverteilung Wie Nachtara Ich weiß gar nicht Ob Nachtara mehr ein physischer Oder spezieller Tank Weil ich glaub Nachtara war ein spezieller Tank Das war ziemlich gut Machen wir mit der Aquarelle weiter Und dann hab ich Gewonnen Würde ich einfach mal so behaupten Okay Das war nicht so wild 120 Erfahrungspunkte Das ist schwer in Ordnung Zuerst hungerten wir nach S-Bahn Und jetzt hungern wir nach einem Sieg Ja das kenn ich Das ist es nicht schön Schutz wirklich Das ist okay An dem Punkt denke ich Haben wir ein Item irgendwo Ich muss mich da an erinnern Dass ich immer wieder mal Nachschauen sollte Wenn hier ein Item ist Dann will ich das auf keinen Fall verpassen Dieser Karatekämpfer hier Wird ja eine Lektion erteilen Okay Karatekämpfer Zeig was deine Lektion ist Hast du etwa Ein Kampf Pokémon Ein Wulnona Ähm Ich will nicht zu nahe treten Ich hab das Gefühl Das darum geht den Kampf zu gewinnen Ist Oh Konfustrahl Oh Das ist ein guter Angriff Wollte gerade sagen Das ist ein Feuer Pokémon Gegen Wasser Pokémon Nicht so sinnvoll Aber dann kam der Konfustrahl Ich glaube Er hat meine Meinung geändert Nein Wisst ihr was Nein Ich hab meine Meinung nochmal geändert Aquabelle ist Nicht so stark Wie ich das erwartet hatte Okay Jetzt sind wir beide verwirrt Ah Bodyguard Okay Bist du den Schleier umhüllt Komm schon Sitzbank Nein Wir haben dieses Spiel Der Verwirrung verloren Und interessanterweise Halt man sich auch nicht Wenn man Schaden durch Verwirrung genommen hat Dann wiederum vielleicht Ist er Nein Ich wollte gerade sagen Dann wiederum Nimmt man den Schaden Vielleicht dann Nachdem man sonst Die Leben bekommen würde Aber es gibt glaube ich Auch nicht wirklich Sinn Und begeistern davon Auf jeden Fall Wann wird man auch geheilt Wenn man Pokémon besiegt hat Das war seltsam Dass ich gerade eben nicht geheilt wurde Scheiße Wenn man sich selbst Auf Verwirrung verletzt Gibt es keine Heilung oder so Vielleicht wird eine gesamte Runde Geskippt Und sowas Dann schau ich das da oben an Schau ich diese unsaubere Kante an Wer hat das gepixelt Wer war das von euch Wer hat die falschen Teils da oben reingesetzt Das sollte so nicht sein Das ist eine sehr unsaubere Kante Aber dann wiederum Ich sehe gerade Es bricht hier generell alles Im 90 Grad Winkel ab An der Seite Das ist nicht schön Das ist nicht schön Okay Danke für den Blütenbrief Schätze ich Dieser Blütenbrief Wollte gefeiert werden Dafür dass er hier ist Was beißt an? Beißt überhaupt was an? Es beißt nichts an Komm schon Da muss was anbeißen Ich weiß nicht Ob das sonst noch hohes Gras ist Und ich würde sagen Und ja ich weiß übrigens Das ist noch stetig Wo ich im hohen Wasser Was angeln kann Bis Protokoll Ich hätte aber keine Lust Zurück zu laufen Das können wir alles abhaken Wenn wir dann fliegen können Komm schon Yes Was haben wir? Wir haben ein Habitag Ja ich glaube ich habe Lust Auf dem Habitag Ehrlich gesagt Ich glaube ich bin bereit Für dieses Pokémon Habitag fand ich eigentlich Immer relativ cool Wir benutzen einen Nestball Was hättest du davon? Ball für schwache Pokémon Hä? Befreie dich doch Wenn es dir nicht passt Ja dachte ich mir Habitag kommt sowas Von ins Team Ich weiß nicht ob Habitag Wirklich gut ist Aber Habitag ist ziemlich cool Irgendwie Habitag Kleinvogel Im Flug schlägt es Eifrig mit den Flügeln Mit seinem Schnabel Sucht es im Gras Nach Beute Ähm Fällt mir ein guter Name ein Ist eine gute Frage Wir brauchen auf jeden Fall Was mit Schnabel Ich äh Ich glaube ich habe einen Namen Moment Wir nennen es Schnäblein Okay Schnäblein Ich hoffe du bist bereit Dem Team beizutreten Du musst in große Fußstapfen Äh treten an dem Punkt Das heißt ich hoffe wirklich Dass du bereit bist Ansonsten könnte das Wir nehmen es übrigens Am nächsten Pokémon Center mit Ha du bist nur ein kleines Kind Wie willst du einen ausgewachsenen Mann Wie mich besiegen Das ist übrigens eine ausgezeichnete Frage Das ist immer eine Situation Wo ich das Gefühl hab Das ich meine Es gibt dieses Horror Klischee Das kleine Kinder auftauchen Und sie sind dann super gruselig Und sowas Aber es ist genau die Situation Ich bin erwachsen Mit einem Achtjährigen Werde ich fertig Okay Ich kann dich besiegen Was soll das Das ist ein dummes Klischee Nein Nein Ernsthaft ist es Warum hast du dich schon wieder Nicht gehalten Ich muss schon mal Schaden auszahlen Um mich mit Segesang zu heilen Relativ interessant Ich denke es ist ein dummes Klischee Okay Ich will hier einfach nur damit sagen Nein Das ist keine gruselige Gestalt Wenn einfach nur ein Kind vor dir steht Das ist ein Kind Was willst du machen Willst du weinen Ist es das Soll ich jetzt Soll ich jetzt Angst haben Soll ich jetzt besser gehen Ne Das ist es Fühle ich nicht Und die Aquawelle Die fühle ich dagegen sehr Sie macht allerdings nach der Amnesie Nicht mal allzu viel Schaden Was ähm Nicht ganz so spaßig ist Aber komm schon Verwirrung Yes Und so Haben wir es trotzdem noch geschafft Ich bin übrigens ziemlich begeistert davon Beziehungsweise Ich habe nicht genau in solche Stellen reingeschaut Aber ich glaube Ähm Bei meinem äh Aktuellen Mikrofon Ist es so Dass es die Geräusche Die Tasten Das ist der Tastendrückgeräusch Nicht wirklich aufnimmt Da sollen wir ein Problem mit Haben wir Wir haben Zertrümmerer Da sollen wir ein Problem mit dem anderen Mikrofon Das weiß ich mal Aber es gab diese eine Pokémon Fangame Persebere Es gab diese eine Pokémon Fangame Welche ist einfach nur Das war Pokémon in der Zelda Welt quasi Ich glaube davon müsste es auch eine neue Version geben Ich sollte mal nachschauen Das fand ich ziemlich cool Auf jeden Fall Ähm Haben sich bei dem Video Ein paar Leute beschwert Dass ich viel zu laut auf die Knöpfe Gamert habe Wo ich sagen muss Ja ich verstehe absolut warum Inzwischen habe ich das Gefühl Ich hämere nicht mehr ganz so schnell Aber schon noch ziemlich schnell Und Äh Bei dem Mikrofon wird es nicht ganz aufgenommen Und das erleichtert mein Leben Äh Das heißt Ich kann die schlechte Angewunderheit Einfach frei behalten Und niemand wird irgendwas davon jemals mitbekommen Das Ganze ist natürlich wesentlich weniger aussagekräftig Wenn sich herausstellt Dass man es in der Tat hört Aber Ähm Wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand holen Und Scheinwerfer Aber wie ist überhaupt ein Level 18 zu sehen So generell Level 18 gehe ich Ich habe das Gefühl Level 18 ist schon ein bisschen Ist ein bisschen niedrig Gegner auf Level 22 von vorhin Das war ziemlich in Ordnung Aber 18 Komm schon Was ist für eine Levelkurve Und ein Haryama Ähm Haryama ist sehr tanky Und es hat Kampfangriffe Die nicht gut für Äh Für Sitzball sein werden Also gehen wir einfach zu Gluta über Denn Kampf war glaube ich Nichts effektiv auf Pflanze Eher gesagt Ist das eine Wechselwirkung Wo ich mir absolut nicht sicher bin Wie steht Kampf zu Pflanze Machen wir Drachenwub Ich glaube Kampf war Nichts effektiv auf Pflanze Ich bin mir da auch echt nicht so sicher Beziehungsweise ich bin mir da weniger sicher Als ich mir wünschen würde Uh Das hat viele KP Versuchen wir den Mega Sauger Oh Gott Riechsalz Das erinnert mich an die guten alten Zeiten Als ich Pokémon-Kubinen gespielt habe Beziehungsweise Saphir Was ich zuerst hatte Aber Ich habe Saphir gekauft Weil ich dachte Dass es da Groundhog gibt Und dann hat sich herausgestellt Dass man gegen Team Aqua kämpft Was so viel uncooler ist Als Team Magma Und dann war es noch Kyoga Oder Kyoke Wie ich damals zusammenpflegte Und das Das war einfach Das war einfach nur ein Fehler Auf sehr vielen Ebenen Ich war nicht begeistert Dann konnte ich mit dem Freund von mir Die Edition tauschen Und seitdem hatte ich Rubin Inzwischen habe ich die Rubin Edition nicht mehr Worauf ich hinaus wollte Ähm Ich war in der Siegestraße Und ich habe trainiert Und da sind viele Ariyama Die waren okay Weil die ich glaube 835 Erfahrungspunkte geben Und die haben sehr oft Riechsalz eingesetzt Oder Bauchtrommel Zum Glück wusste ich damals nicht Was für ein Unheimlich Nach der Bauchtrommel erwarten könnte Denn Bauchtrommel war einfach nur So für mich der Jackpot Angriff Fariyama findet die Hälfte Sein Leben Weswegen es nach einem Angriff Äh Totes Aber Huh Das hätte gefährlich werden können An dem Punkt Äh Villa des Bärenmeisters Gratisbären für alle Ich hätte Unglaublich gerne Eine Gratisbäre Bist du der Bärenmeister? Alle nennen mich Der Bärenmeister Ich verschenke täglich Bären Weil ich möchte Dass die Menschen Sie zu schätzen wissen Du hast ja auch Eine Bäre verdient Die Nierbebäre Okay Bären sind Geschenke der Natur Ich will dich ermunter Deinen Pokémon Bären zu fressen Zu geben Das macht deine Pokémon glücklich Wenn die Leute das sehen Werden sie selbst Bären pflanzen Das wird Sinn Und zu einem grüneren Natürlicheren Ort machen Äh Ja Ja Ich denke auch Dass mehr Bären in der Natur Auf jeden Fall Die Welt zum grüneren Ort machen Möchtest du ein wenig Mulch? Du Bären pflanzen möchtest Ist das ein großartiger Dünger? Ach ja Das ist eine Sache Aber nein Ich denke ich werde Auf diesen Aspekt des Spiels verzichten Vergisst du auch so leicht Wo du deinen Bären vergraben hast? Nein Ach tatsächlich Dann kommst du ja sicher Ohne mein Geschenk zurecht Ja Ich vergesse es Ich kann Oh Ein Zube für den Poketsch Du wirst selbst entwickelt Okay Ich wusste nicht Dass du da zu einer Lage bist Aber Ich schätze Viele Kinder sind da ein bisschen Äh Fit als ich Du hast ein Bild von einem Kampfballen Ein Schlachtengemälde Ist das ein Gemälde Aus einer Art Konfrontation Zwischen Zweite mehreren Nationen Ein Feuergefecht Sowas wie ein Krieg In einer Aus Pokémon bestehenden Welt Davon habe ich Nämlich noch nie gehört Leute sagen immer Bei diesem Pokémon Video rein Äh Erzähl von dem Pokémon Krieg das Das war irgend so ein dummer Job von vor Sehr viel Garde Und ich muss sagen Ich habe viele damit gemacht Und Ich fühle mich nicht Dazu in der Lage Mehr zu machen Es ist einfach Nein 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 Ich will wirklich nicht Mir fällt auch nicht Wirklich was ein Das ist halt ein sehr alter Joke Ist immer ein bisschen Seltsam Äh Hydro Pumpe Machen wir Hydro Natürlich machst du Schutzschild Komm schon Nochmal Hydro Pumpe Ich mein Okay Die letzte Hydro Pumpe Seht ihr Das wäre nicht passiert Wenn ich diesen einen Eisangriff Sitzbank nicht hätte Verlernen lassen Für die Hydro Pumpe Aber Ich habe es trotzdem getan Und das war Das war nicht Poodocks Die Hydro Pumpe macht Echt nicht so viel Schaden Wie ich mir das wünschen würde Ich muss ich ehrlich gestehen Bin ein Stoß Ist okay Ist okay So wisst du was Ich glaube ich ja nicht Als ich in der nächsten Stadt ankomme Was gleich passieren wird Dann werde ich erstmal kurz Mit dem Bike im Kreis warn Um das Ei auszublüten Was wahrscheinlich Togepi sein wird Oder Und dann werde ich Auf jeden Fall Mein kleines Schneeblein Ins Team nehmen Denn Schneeblein Möchte gefüttert werden Mit Erfahrungspunkten Hallo Hallo Piep Zu Herzhofen Habe ich nur eins zu sagen Pokémon Wettbewerbe Ich werde meinem Lieblings Pokémon Daran teilnehmen Achja Das Hofen ist ja so schön Jedes Jahr wird das Die schönste Stadt Von ganz Sinno gewählt Achso Das klingt nach einem neutralen Wieso macht ihr überhaupt Jedes Jahr ein Wettbewerb Wenn immer die gleiche Stadt gewinnt Das ist dumm Was für ein Glück Dass du in der Nähe bist Und ich wäre mein Haspiror Wer weiß wohin gelaufen Wieso Haspiror Zurück in den Pokéball mit dir Ich bin Julia Ich bin Juror Im Popon Wettbewerb Besuch mich in der Wettbewerbshalle Dann kann ich dir angemessen danken Dann hätte ich mir auch hier Ein Item geben können Aber okay So fahren wir doch hier mal Nach rechts und links Bis was ausschläuft Und dann Schauen wir uns in der schönsten Stadt Von ganz Sinno um Aber ernsthaft Was ist das für eine dumme Preisverleihung Wenn jedes Jahr das gleiche gewinnt Ich würde gerne einen anderen Vergleich bringen Da mir fällt keiner ein Aber Eine Ahnung Sonst hätten wir einen Preis verliehen Dass München die teuerste Stadt Deutschlands ist Was glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht geht Jetzt Ich glaube aktuell ist es Stuttgart Alter ist nicht der Punkt Oh TorGP werde ich sowas von nicht trainieren Nein Vor allem entwickelt sich glaube ich mit Zuneigung Ähm Nein Ich wollte ihm Spitznamen geben Ich hab Ah Passt auf Tastkonfiguration Deswegen komme ich immer übereinander B ist A und A ist B Ich könnte das umändern Aber Ich dachte mir Ja ich gewöhn mich dran Aber ich gewöhn mich nicht dran Okay Das heißt TorGP hat keinen Spitznamen Das ist gegen die Regeln Ich werde natürlich sagen Hey Sei doch ein bisschen locker Was die Regeln angeht Aber nein Wir müssen ernst machen Tatsache Dass TorGP keinen Spitznamen bekommen hat Bedeutet Dass TorGP Insel auf dem Brief auflandet Es gibt bestimmt Es gibt dem Ganzen Eine makabere Note Wenn man ein frisch geborenes Pokémon auf dem Friedhof legt Das ist Das sehe ich ein Aber gleichzeitig muss ich sagen Ah Weil wir bekommen gar kein Ibitak Fällt mir gerade auf Habitak wird sich Welch Level entwickelt sich Habitak Das wird ja gar nicht Ibitak Ah das hatte ich Das hatte ich auch vergessen Auf Level 20 entwickelt sich Habitak Das ist doch ein Level Das wir durchaus In absehbarer Zeit Anstreben können Also leider Mein Leben ungemein Aber ja Ein Pokémon direkt Von Wenn es frisch geschlüpft wird Direkt in den Friedhof zu packen Das ist Grausam Aber Was soll ich sagen Ich habe ihm keinen Namen gegeben Und das sind nun mal die Regeln Ich kann nicht einfach Gegen die Regeln verstoßen Auch wenn es natürlich Etwas hart klingt Ich bin natürlich auch Zutiefst erschüttert Ein dermaßen Hilfreiches Pokémon Äh Wie 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 Torgefin Nicht trainieren zu können Ich wünsche Wir würden hier direkt Fliegen bekommen Das würde mein Leben erleichtern Wo will ich überhaupt Am besten hingehen Es gibt hier gerade So viel zu sehen Wenn ich mein Baby Spazieren fahre Sehe ich die Stadt Mit anderen Augen Wir fallen Treppen Stufen und Schlaglöcher auf Ich sehe keinen Schlaglöcher Ich dachte Das wäre die schönste Stadt Von ganz Sinn Ich bin im weiten Weg Von Höhen her gekommen Ich wollte zur Wettbewerbshalle Aber ich habe mich verlaufen Zum Glück Haben mir die freundlichen Leute Den Weg gezeigt Ich war beeindruckt So viel Hilfsbereitschaft Einen Fremden gegenüber Darf ich dir nun zeigen Wo es zur Wettbewerbshalle geht Klar Gut Bitte folge mir Man kennt das Leute aus einer Großstadt Sind immer die freundlichsten Das sei gemeinhin bekannt Okay Wettbewerbshalle Ist es da oben Cool Die ist die Wettbewerbshalle Bitte tritt ein Vielleicht später Ach Welche Accessoires Soll ich meinen Pokémon Nur anziehen Die Auswahl ist zu groß Ich kann mich einfach Nicht entscheiden Moment Hätten wir Wunden Pokémon Das für den Wettbewerb Halbwegs geeignet wäre Können wir nachschauen Wie die Angriffe Für den Schönheitswettbewerb Oh der ist gern Der funktioniert nicht Wie die Nation 3 Oder Hier nehme ich Keine Informationen dazu Ich erinnere mich Ehrlich gesagt Überhaupt nicht An den Wettbewerb Ich weiß nur Dass man seinen Pokémon Mit Accessoires ausrüsten kann Dass man im Kreislauf kann Um welche zu finden Und sowas Man nennt mich Herr Deko Niemand kennt meinen Warnamen Nein Ich meine ich selbst Ich suche seltener Items Das ist mein Leben Ich will etwas seltener Für dich finden Freut mich demnächst nochmal Okay Nein Nein Okay Etwas seltener Okay Ich freut mich demnächst nochmal Nach meiner Hochzeit Möchte ich gern in Herzhofen leben Aber mein Freund scheint es Nach Schleiede zu ziehen Ja würde ich sagen Ihr habt auf jeden Fall Ihr habt auf jeden Fall Gemeinsame Zukunftspläne Die absolut miteinander Kompatibel sind Heute war ich mit meinem Pachiriso Auf dem Platz der Treue Unterwegs haben wir einen Pokémon Fehler Meinst du verleiht Pachiriso mehr Anmut Ja auf jeden Fall Okay Wisst ihr was Wir gehen in den Platz der Treue Vestor Geh mit deinem Pokémon spazieren Denn zufälligerweise Haben wir einen Pokémon Mit dem wir spazieren gehen können Mein Pikachu gefällt es Mal den Pokémon zu verlassen Und einen Spaziergang zu machen Das sehe ich daran Dass seine Wangen ganz freudig zucken Also der Platz der Treue Auf dem Platz der Treue Kannst du mit deinem anmutigen Pokémon spazieren gehen Aber mit keinem hässlichen Willst du mit deinem Gluta spazieren gehen Yeah Denn Gluta ist so anmutig Genieß die Zeit zu zweit Viel Vergnügen Okay Gluta Ich hatte immer das Gefühl Du bist ein Gluta Ich würde sagen Jetzt sind wir gemeinsam unterwegs Gluta kuschelt sich an sich Ach Gluta Du bist der beste Freund Eines Trainers Oh ich kann es gern glauben Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu Wohin ich auch gehe Mein Pikachu folgt mir Ohne zögern Haha Ja wir zwei beiden Juhu Ja das kenne ich auch Haha Gluta und ich Wir zwei beiden Juhu Gluta kuschelt sich an Ich wusste nicht Dass Gluta so kuschelbedürftig ist Ehrlich gesagt Das ist sicher Ich habe ihn sogar nicht eingeschätzt Aber okay Suiden stammen aus einer längst vergangenen Zeit Achso Okay Gut Also erklärt TM19 Rasierblatt Yes Ich weiß wer sich über diesen angefreuen wird Gluta Gluta riecht am Boden Yeah Wie riecht der Boden Gluta Ach wir wurden hier rüber geworbt Wo wir wollen das hin geworbt Ach wir wurden hier rüber gebracht Bisschen langweilig Es war es nicht so Dass sich Gluta wieder Gluta fühlt sich wohl Dass sich Gluta wieder anquatschen muss Und hin wieder hat er ein Item für mich Aber es kann auch hier wieder sein Dass ich das mit irgendwas aus Generation 5 verwechsle TM84 Magensäfte Ich glaube das ist nicht allzu gut Das ist wirklich eine Sache Die ich gelernt habe über das Spiel Verwechsle wirklich viele Stellen aus Generation 4 und 5 miteinander Haben wir hier oben sonst noch was? Nein Wann war das? War das alles? Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Platz Aber Aha War das wirklich schon alles? Da drüben sind noch welche mit ihrem Pipi Und da ist noch so eine andere Ruine Komm ich in die andere Ruine? Was wenn ich durch die Ruine einfach gehe? Vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang? Jetzt bringe ich mich einfach nur wieder hier raus Okay Schauen wir ob wir einen anderen Eingang finden Können wir uns auf die Bank setzen? Natürlich nicht Oh Glutha hält etwas Glitzerfels Danke Glutha Dann verstauen wir den Glitzerfels nochmal im Modekoffer Hier bin ich nicht weiter entlang Ich meine hier muss nur noch irgendwas sein Nein? Ach komm schon Glutha wir gehen Das ist einfach nur enttäuschend Glutha sieht sehr glücklich aus Das will ich auch hoffen Und war schön Bestimmt Dann bis zum nächsten Mal Das war sehr anmutig Muss ich sagen Mit Glutha unterwegs zu sein Au 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 Da ist die Presse Die Presse möchte mit mir reden Hallo Ich arbeite für Jubelstadt TV Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Ja Vielen Dank Lass uns am besten keine Zeit verlieren Wie hat dir der Spaziergang mit deinem Challenge reingefallen? Und wie geht es dir im Moment? Ah Rumsberst Danke dass du dir Zeit für uns genommen hast Dieses Interview wird bald in der Sendung ausgestrahlt Schalte doch ein und sieh dir an wie du im Fernsehen rüberkommst Das ist eine Sache die ich mir nicht vorstellen will Ich war einmal im Fernsehen Es war irgendwie Ich habe keine Ahnung Irgendwas von der Schule Und da war ich glaube ich für 5 Sekunden zu sehen Es war auch irgendwie Ich habe keine Ahnung Es war aber kein großer Sender oder so Das war auf jeden Fall echt aufregend Und damit meine ich in der Gruppe 5 für 5 Sekunden zu sehen Nicht ich selber Wenn ich groß bin Möchte ich Pokémon Koordinator werden Ja das ist eine Sache Aha du bist ein Trainer Du hast bestimmt eine enge Bindung zu deinen Pokémon Du weißt dass man viel Neues entdeckt Wenn man mit Pokémon unterwegs ist Bist du auch ein Pokémon? Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus Wenn das Baby schläft Liegt sich das Pokémon daneben und schläft auch Wenn das Pokémon schläft Liegt sich das Baby daneben und schläft auch Wenn ich groß bin will ich auch ein Trainer werden Ich nicht Ich will lieber Pokémon Koordinator werden Oh wow du bist ein Pokémon Trainer Pokémon an sich zu haben bedeutet viel Verantwortung zu übernehmen Aber man hat doch viel Spaß und Freude mit ihnen Ja Das stimmt soweit Meine Schwester macht so viel Lärm Dass mich gar keiner bemerkt Oh Gott Schlüsselkind Gehen wir Er steht in der Ecke In der Topfpflanze Oh meine Schwester ist so laut Dass mich niemand bemerkt Herr Zofen sei kinderfreundlich Sagen manche Aber das stimmt nicht ganz Herr Zofen ist kinderfreundlich Zu Kindern Zu Erwachsenen Und zu Pokémon Ja sicher Außer den Jungen da unten Alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon Das wird nicht einfach werden Aber es hebt in jedem Fall die Stimmung Oh hier leben einfach die alten Leute Es sind Leute die zu anderen freundlich sind Damit man sie ebenso behandelt Ich verstehe nicht was da an schlecht sein soll Na Das ist Nein 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 Das ist der falsche Ansatz Das Ganzen Damit Nein Das ist Ich bin freundlich zu Leuten Damit ich was dafür Gegenzug zurückbekomme Das ist nicht Wie sowas funktionieren sollte Sollte es das aus Prinzip sein Und nicht weil du eine Gegenleistung dir erhoffst Komm schon alter Mann Nein In diesem Haus gibt es keine Treppen So ist es schöner Ohne Treppen können sich die kleinen Pokémon Viel freier bewegen Wir können doch einen Zaun vor die Treppe machen Aber das weiß ich schon Guten Tag und willkommen bei den Sinn und Nachrichten Netzwerk Das Sinn und Nachrichten Netzwerk hat seinen Teams die Nachrichten vor Ort recherchieren In der gesamten Region verteilt Durch den Statistiktausch im Collins Club kannst auch du uns helfen Auf diese Weise erfahren wir welche Nachrichten für deine Freunde interessant sein könnten Ist ja auch bei der nächsten Sendung Oh cool Sendungen werden immer aufregender Wie baut man eigentlich ein Haus das keine Treppen hat und stattdessen nur einen Fahrstuhl Ich will nicht sagen das sowas öfter passiert aber sagen wir mal der Fahrstuhl ist defekt Aus welchen Gründen auch immer Habt mir sagen lassen das passiert hin und wieder Zumindest beschweren sich darüber immer Leute die den Fahrstuhl in ihrer Wohnung haben Ich hab keinen beziehungsweise am Haus Ich musste den zweiten Stück zu Fuß gehen Wie ein Tier Und der ist immer kaputt Das heißt die alten Leute da oben hätten dann keine Möglichkeit mehr rauszukommen Aber Wird schon gut gehen Leute aus der ganzen Welt schauen mal den Puppenwettbewerben zu Was soll ich nur tun Die ganze Welt wird mich sehen Mindestens Es gibt hier Wettbewerbe und wir haben den Platz der Treue Da Herr Zofen von überall her Besucher empfängt Halt mir die Stadt sauber Mein Knilz findet auf dem Platz der Treue immer Bern und andere Dinge Nein ich will mit dem Knilz reden Puffa Hast du noch ein Schlüsselkind? Nein Niemand beachtet mich Oh Gott dieser Typ Dieser Typ Der will man nicht sein Ihr habt wenigstens Pokémon hier oben dafür dass ihr auf die Treppe verzichtet Ich habe etwas das ein Pokémon hat können Diesen Sehgesang Oh was? Moment wir haben Sehgesang schon Ich mein Ein bisschen mehr Singsang kann nicht schaden schätze ich Erstmal der EP Tyler Ich weiß nicht wie ich das mal aussprechen soll Egal wie ich sage Leute macht es nicht immer drüber lustig Deswegen versuche ich einfach eine längere Pause zu machen Nach dem EP Tyler Das fühlt sich sehr natürlich an Äh Warte Gift Giftschleim? Was suche ich? Gift nicht Gifthafel Giftschleim Da ist er Ganz oben Für Trashy Trashy hat leider auch noch ein paar Level vor sich bis es sich weiterentwickelt Ein paar Leute meinten dass Trashy zu einem schlechteren Pokémon wurde Ich würde sagen Ich weiß nicht Ich wollte gerade sagen ich würde optisch zustimmen Aber ich weiß nicht Ich denke sie sind beide ganz cool Ich mag Geradax auf jeden Fall mehr Wobei nein Zickzacks ist optisch überlegen Zugegeben Aber von der Stärke her Ist Zickzacks schwächer als Skunkapoo Oh der Pokémon Fanclub Das ist immer seltsam Schauen wir rein zu den Freaks Du schon wieder Hallo ich arbeite für Jubelstadt Ich werde jetzt bestellen ein Interview Okay Der Lapras ist ein sehr lebenswürdiges Pokémon Nicht wahr? Wie denkst du über deinen Lapras? Uff Ähm Pokémon 2 Nein Das sind einfach nur Pokémon Wie denkst du über meinen Lapras? Suchen wir Gefühle Ähm Genuss Ich denke Sitzbank ist ein Genuss Es ist ein Genuss In der Gegenwart von Sitzbank zu sein Okay alter Mann Hallo hallo Ich sag mal wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs Ja das bin ich Wenn du einen Pokémon ich sag mal belohnen willst Was wirst du dann tun? Nun ich sag mal was mich betrifft Ich gebe ihnen einen leckeren Knurs Boah fragst du Weil ich damit sag ich mal Meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann Ein Beispiel Wenn ich sage mal Einen Pokémon einen süßen Knurs gebe Gewinnt es deutlich an Anmut Anderes Beispiel Ein scharfer Knurs Ich sag mal Schenk meinen Pokémon coolness Deswegen sind Knurspe Ich sag mal sehr wichtig Und sehr gesund für alle Pokémon Also dann Ich sag mal Hiermit schenke ich dir diese Knurstbox Viel Vergnügen sag ich mal Oh Gott Ich hab so viel Zeit Wird verbracht Knurspe zu rühren Fülle sie Ich sag mal mit viel Knurstmon Verteile diese Großzüge an deine Pokémon Das werden wir diesmal nicht machen Wir werden aber einen machen Komm Pokémon Fanclub Oh dein Sitzbank Es mag dich wirklich sehr Du mannst es ausgesprochen gut Ja Ich sitze auf Sitzbank Ich glaub die Knurspe stellt man aber In der Wettbewerbshalle her Und nicht einfach In der Knursbox Das heißt wir können Das soweit mal ignorieren Was haben wir denn im Shop alles? Natürlich irgendwas brauchbares für mich Sowas wie Komm mal hin Ich hasse es Dass ich immer noch Pokébälle kaufen muss Null Supertränke Ich hätte gerne 5 Durchgehengift Yeah Paraheiler Yeah Aufwecker Kostet ein bisschen was Aber kann nicht schaden Feuerheiler Eisheiler Werden wir eh nicht brauchen Fluchtseil Ich besitze 1 Das reicht ehrlich gesagt Schutz Noch 8 Denn mein Gott Hätte ich ja noch ein paar mal Schutz So und was verkaufst du? Rosa Brief Heilball Netzball Nestball Ich mein Nach wie vor gibt es nichts Was gegen ein paar gepflegte Netzbälle spricht Würde ich einfach mal behaupten Würde ich mal so sagen Was hat der Pokémon Fanclub-Tipp gesagt? Das alte Blemer könnte ich jetzt gut gebrauchen Aber ich hab erst 2 Ordner Also kann ich jetzt noch nicht kaufen Aber das sollte man Steigt an mit der Menge von Ordner In dem Spiel Ich dachte es wäre erst Ab in der Nation 5 so gewesen Knusperrei Auf in die Weihnachtsknusperrei Hallo Hier kannst du Beeren kochen Aus den Knuspen machen Möchtest du allein kochen Und zum mit anderen Allein Okay Los geht's Äh Wo ist der Das Okay Ähm Wir verwenden Ne nutzlose Beere Eine Durinbeere Ja Okay Die Durinbeere wird hineingegeben Und dann Äh Mixen wir mal los Man darf auch nicht zu schnell rühren In die Richtung Das ist sehr schwer mit der Maus zu machen Es brennt an Ich kann nicht so schnell rühren Ich versuche das mit der Maus zu machen Wisst ihr wie schwer das ist? Oh Gott Oh Gott Das geht überhaupt nicht Oh nein Oh Gott Kann ich abbrechen? Lass es anbrennen Ich kann das nicht Das funktioniert nicht Das funktioniert nicht mal fast Oh Oh das war Ich dachte das war gut Und dann habe ich Nein Oh Gott Oh Gott Es brennt Ich kann Ich kann nicht Es ist so schwer Dafür braucht man den richtigen Stylus Sonst wird das schlicht und greift nicht gut gehen Meine Oh Gott Ich kann das nicht Meine Hand wird taub Ich werde irgendwelche negativ gesundheitlichen Folgen davontragen Wenn ich das weitermache Lass den Knusel anbrennen Und dann geben wir ihm Trashy Denn der frisst alles Wie schon gehört In der Mülltonne haben wir ihn gefunden Und ich muss weiter Okay fertig Übergekocht Nullmal Angebrannt Zehnmal Ein bitterer Knusplevel 9 Ich kann mir gut vorstellen Dass der ein bisschen bitter wurde Ja Tut mir leid Der Knuspleifestyle ist leider nichts für uns in diesem Spiel Nicht mal ansatzweise Das war anstrengend Bitterer Knuspleifestyle Trashy Wie sieht es aus Asunga Trashy Asung Knusp Yeah Das ist ziemlich Hype Was wir gerade gemacht haben Ich denke ich einfach Nein Ich will kein Interview geben Du Warum Warum verfolgst du mich Und stehst bei jedem Haus im Eingang Mein Gott Ist das ne Kirche Angst und Zweifel Finden wir Weil wir Gedanken anderer nicht lesen können Ist jedoch unmöglich Die Teile der Welt Außerhalb unseres Empfindens zu kontrollieren Naja Pokémon Menschen Es ist ganz normal Dass wir uns voneinander unterscheiden Beurteilt ein Pokémon nie nach seinem Aussehen oder seiner Stärke Such nach seinen inneren Werten, seinem Charakter Nur das zählt Und bei Menschen? Darf ich die nach ihrem äußeren und ihrer Stärke beurteilen? Es gibt Worte, deren Bedeutung noch nicht jeder erfassen kann Sie lauten Liebe und Freude Einsamkeit ist ganz alltäglich Sie verleiht mir Mitleid mit anderen So freue ich mich auf eine glücklichere Zukunft Und ich genieße die schöne Änderungen in der Vergangenheit Ja, die Zeit hält viele Wunden Okay, was erzählt ihr hier alles? Wenn Mensch und Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich Es bringt uns näher zusammen Es bringt der Welt Harmonie Hier sehe ich Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt Sachen herzustellen ist eine Kunst, die der menschliche Geist erschöpft Was? Erschafft? Und wenn der Geist erschöpft ist? Und wenn der Geist wieder geheilt ist Kehrt auch der Wunsch nach dem Erschaffen zurück Ein wundervoller Kreislauf Setzen sich die Starken zu sehr ein Kommen die anderen weniger zum Zuge Wer stark ist, muss sich selbst zügeln Nur so sind gemeinsames Miteinander und geteilte Verantwortung möglich Ah ja, ihr wollt mir also sagen Sollte mehr als ein Pokémon trainieren Körper und Geist Eins sollte nicht stärker sein als das andere Es bedarf eines Gleichgewichts Das ist der Schlüssel Das ist sehr wahrscheinlich seltsam Das ist das seltsamste Gebäude, das ich jemals in dem Pokémon-Spiel gesehen habe Mit relativ viel Abstand Ich mein Was soll Was war das? Papa, Mama Ja, der Kinderwagen wird von Tag zu Tag schwer Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst entfreunden wird? Äh Pantimos Wo will ich jetzt am besten an sich Ich glaube, wir haben die Stadt soweit angeschaut Überall Leute, ich könnte dann nochmal kurz Mit dem von der Arena reden Erstmal mit dem Mein Kampfhahn Da habe ich wirklich strapaziert Ich kann mich erinnern, dass ich ihn verwendet habe Äh Als ich mich mit diesem wirklich faszinierenden Trainer duelliert habe Dann fragte sie Magst du mich? Ich bin total rot geworden Ha, 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 ha Holla, wie geht's, Trainer? Der Anweser hat verrät mir, dass du die Arena-Leiterin herausfordern willst Tja Ich möchte dir keinen Strich durch die Rechnung machen Aber es wird nichts werden Wieso, fragst du? Ganz einfach Sie ist nicht hier Mach dir aber keine Sorgen Soweit ich weiß, sie ist in der Wettbewerbshalle Komm einfach später wieder Ich warte in der Zwischenzeit auf dich Okay, wisst ihr was? Servus Wir gehen noch in die dumme Wettbewerbshalle Damit wir das direkt auch noch hinter uns haben Ich glaube, ich war noch in so vielen Häusern nicht Ach Was ist das? Hi, du bist ein Trainer Das heißt, du verwendest Boxen Du bist also ein Anwender Oh, was ist das denn? Du schaust so erstaunt Ach ja, natürlich Entschuldigung Ich rede wieder schneller als ich denke Ich heiße Lana Kennst du die Boxen auf den PCs? Ich bin die Systemadministratorin Ist das Ist das der Systemadministrator? Oh mein Gott Ich merke, ich fang gleich in Ohnmacht Sag mal Ich hoffe, ich überruple dich nicht damit Aber willst du zufäng Ein Punkt war, damit ist Evoli An sich ja, aber nein Na gut Da muss ich jetzt wohl selbst großziehen Ja, wir können es dann Wenn wir den Weg haben, es weiterzuentwickeln Dabei ist sie sehen Der echte Systemadministrator Wahnsinn Oh, mein Held Oh, hallo MOP männlich Ah, okay Was? Nein, wirklich Katrin ist deine Mutter Kannst du ja den Wettbewerb gewinnen Oh, das weiß ich nicht Ich habe mit dem MOP männlich nie über Wettbewerbe gesprochen Außer bin ich überrascht, dass ihr zwei mich kennt Oh ja, richtig Danke nochmal für vorhin Bitte nimm mich das Accessoire Glitzerpuder Statt deinem Pokémon vor dem Wettbewerb mit den Accessoires Es wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen Ich bin Jura Also komm mal vorbei und amüsier dich Keine Sorge Für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse Okay, Katrin, dann bis später Ich würde das gerne nicht machen Ist das nicht die Ende von den Top 4 da rechts? Warst du so überrascht, mich zu sehen in MOP männlich? Ich war mir bei Langweig Also wollte ich Urlaub in den Herzhofen machen Ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind Aber willst du wirklich beim Wettbewerb mitmachen? Dann sollst du dich etwas besser anziehen Es ist immerhin eine Show Wenn ein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen Sieh das, Jan, das passt besser Ist ja zufälligerweise gerade ein Smoking meiner Grüße dabei Du wirst bestimmt klasse darin aussehen Genießt den Wettbewerb Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden Bis später Ich will nicht wirklich, aber wir müssen Willst du an deinem Wettbewerb teilnehmen? Oh, sie ist die Arenaleiterin von hier wahrscheinlich Hast du eine Knurzbox? Sehr gut Dann habe ich hier einen überaus schmackhaften Knurz für dich Ein lieblicher Knurz Danke Gib diesen Knurz deinem Pokémon, das dein Wettbewerb teilnehmen soll Ach und eines noch Genießt den Wettbewerb Am besten bereitst du dich vor, indem du zunächst etwas übst Am Schalter ganz rechts kannst du Übungswettbewerbe bestreiten Ja, sicher Komm Wettbewerb, Sully Ich kann dir helfen, dich für einen Wettbewerb einzutragen Möchtest du Pokémon für einen Wettbewerb anmelden? Eintragen Normalklasse, seien wir ehrlich Ähm Wir wollen klug Damit Trashy teilnehmen kann Trashy ist das klügste Pokémon, das ich kenne Los geht's, Trashy Wir haben ihm nicht umsonst einen Knurz gegeben, der seine Intelligenz etwas erhöht hat Gut, dein Pokémon wurde für diesen Wettbewerb eingetragen Deine Nummer lautet 4 Der Wettbewerb will gleich beginnen Hirt lang, bitte Oh, schaut euch den Smoking an Zu viel Wahn wie Wettbewerbe in dem Spiel Ich weiß wirklich nicht mehr Gleich fängt er an Der Normalklasse Pokémon Klugheitswettbewerb Mein Name ist Dexler Ich bin der MC und einer der Juroren Ich hab nie verstanden, wofür das steht Die Ergebnisse werden am Ende bekannt gegeben Also, äh, lauft mir nicht weg Und hier sind unsere Teilnehmer Nummer 1 ist Guido Guido Der ist aufs Name gestorben Ulrich Der echte Ulrich Nummer 3 ist Timmy Timmy Anschließt Nummer 4 Schau dich Timmy an mit seinem Polunder Als erstes muss die Garderobe stimmen Damit wir zur Wertung kommen können Spielt eure Pokémon für den Model-Wettstreit Okay, jetzt wird's ernst Jetzt wird es ernst Wir haben 60 Sekunden Zeit, unser Pokémon zu, äh Ja, 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 ja Los geht's Was haben wir alles? Glitzerfels Was soll denn der Glitzerfels überhaupt? Ich hab keine Ahnung Aber dann haben wir ein paar Federn Du bekommst eine rote Feder Hier oben rein Das ist ziemlich modebewusst Dann natürlich ein bisschen Glamour Über Trashy selber Eine Fahne Sehr, sehr, sehr wichtig Dürfen wir nicht vergessen Und ich denke, weil's Trashy ist Müssen wir soweit realistisch sein Oh, kein Platz mehr Okay, dann reicht eine Weiße Wolke Äh, hier hinten Okay, dann will ich den Hintergrund noch gerne ändern Wir hatten Blumen Und Schnee Wir nehmen die Blumen Okay, Trashy hier auch ein bisschen bewegen Nein Okay, wir sind fertig soweit Vielen Dank für eure Geduld Jetzt beginnt der Model-Wettstreit Dexter Nummer 1 Guido bestreitet den Wettbewerb mit Charlie-Line Oh, schau dich die Blume an Das kenne ich mit Trashy beteilten Ulrich Mit Fideli Was ist das für ein hässlicher Fideli Buh Mit Eulchen Dem hat wohl jemand die Federn gezupft Buh Okay, und jetzt Trashy Yes, Trashy Schau dich das an Die Leute lieben es Das nächste folgte Tanzwettstreit Seid ihr alle bereit Oh, nein Nein, 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 nein Äh Können wir nebenher zu den Schritten folgen Finden wir es heraus Musik ab Musik dafür was Oh, nein Äh Was? Hoch Okay, es ist farblich markiert Hoch, hoch, oh Oh, Gott Hoch Vor Oh, Gott Äh Links 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 Okay Links Links Link Das ist knapp vom Timing her Runter, runter, rechts Äh, Gott Es ist schwer Aber das ist nicht Das muss man fairenweise sagen Links Links Rechts Links Links Rechts Oh, Gott Ich hab daneben geklickt Nein Hoch, hoch, links Hoch, hoch Links Okay Ich bin dran Was solltet ihr davon Runter, hoch, rechts Ja, dachte ich mir, dass ihr das nicht hinbekommt Links Rechts Rechts Ja, ich hab sie durcheinander gebracht Damit ist der Tanzwettstreit beendet Moment für Demo-Pim endlich Kann das noch jemand den Aktionswettstreit aufholen? Was ist der Aktionswettstreit? Oh nein Zeigt uns Attacken, die ihr Klugheit darstellen Was, aber das konnte ich gar nicht nachschauen Was, welche Attacke Oh, das ist schlecht Ähm Erste Runde, keine Spannung Basisaktion, wenn letzte Attacke Plus zwei Wir machen, ähm Wir machen einfach Schlitzer Auf Erik Hey, Erik Schöne das an Ja, dachte ich mir, dass dir da die Worte direkt fehlen Ach, das wird so langwierig Konnte ich das nachschauen, wie welche Attacken was sind? Ich könnte schwören, ich konnte es nicht nachschauen Oh nein, für diese Jura hat schon jemand vorgeführt Es gibt wohl keine Bonuspunkte für dich So, ich glaube, das sind jetzt fünf Gründen, die wir durchlaufen müssen Ich würde fast sagen, wir skippten das so weit, ehrlich gesagt Weil Es gibt ja taktisch nichts für mich zu bedenken oder so Die Bewertungen wurden abgegeben Das hat wirklich lange gedauert Das ist nicht wirklich was passiert Das war's, Leute Die Bewertungen sind abgeschlossen Welches Proponiert wird der Gewinner sein? Hier sind die Ergebnisse Ich konnte nicht wirklich gut abschneiden Und jetzt ist es an der Zeit, die Sieger der einzelnen Kategorien zu nennen Zunächst der Ergebnis des Model-Wettstreits Komm schon Oh Oh, Trashy Was für ein Model Der Tanz-Wettstreit Da haben wir auch gewonnen Oh oh Ulrich, Ulrich hat gewonnen Ulrich hat beim Wettbewerb die fünf Sterne vollbekommen Und acht Punkte bekommen Oh mein Gott Warte, was? Oh, Trashy Nummer vier Trashy, herzlichen Glückwunsch Oh mein Gott Der Schönheitskönig Trashy hat's wieder mal geschafft Herzlichen Glückwunsch Der Gewinner ist Trashy von MWP Manico Hier ist der Preis Das Band der Klugheit Das hat Trashy sich verdient Wir freuen uns auf deine nächste Teilnahme Es wird keine nächste Teilnahme geben Ich will ehrlich sein Der Tanzwettstreit ist auch wirklich dämlich In dem Modus Herzlichen Glückwunsch Hier ist der Preis Die grünen Spange Ich glaube die Wettbewerbe habe ich damals auch öfter gemacht Als ich sollte Danke fürs Mitmachen Bis zum nächsten Mal Mit dem Bild von Trashy Rahmen fürs Porträt eines Pokémon Rahmen fürs Porträt eines Pokémon Ist ja nicht Oh, hier kommen wir wahrscheinlich noch Weil ich die Masterklasse geschafft habe Oh, äh, äh Oui, entschuldige bitte Ah, du bist, äh Ihr für den Wettbewerb Ich hoffe, du wirst abend viel Spaß Zufällig ist Lamina Die Arenaleiter von Erzorfen Auch in den Wettbewerb Sie ist, wie sagt man gleich Sie ist Très fantastique Und ganz zufällig Steht sie direkt Direktement vor dir Mhm Lass mich mal sehen Du scheinst, äh Zu sein sehr stark Äh Allos So sei es Wir sehen uns in der Arena Ja, das ist, ähm Interessant Hey Clown Ein Wettbewerb hat drei Teile Model, Tanzen, Aktion In diesen drei Kategorien Werden Teilnehmer bewertet Hohohoho Können wir hier vielleicht noch Irgendwo ein Item Grundregeln Nein, lass mich ruhig mit Grundregeln Pokémons Knuspe bekam Ja, 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 ja Ich meine, wir haben gesehen Dass Trash hier unfassbar gut abgeschlossen hat Nachdem er ein paar, äh Ein Knuspe gegessen hat Das war beeindruckend Dann würde ich aber sagen Wie das Ganze weitergeht Wer hätte den Wettbewerb gar nicht machen müssen Aber ich wollte einen machen Wie das Ganze weitergeht Sehen wir in der nächsten Folge von Wo ist das Pokémon Center? Warum auch immer ich erinnere? Mein Pokémon habe ich gekämpft In der nächsten Folge Von Pokémon Platin Der Randomizer Nasog Challenge Dann Werden wir die Arena machen Und, äh, das könnte interessant werden Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und, äh Gute Nacht Hallo Und willkommen zurück zu Pokémon Platin Der Randomizer Nasog Challenge Beim letzten Mal Haben wir einen Wettbewerb gemacht Und Terzhofen angeschaut Das ist eine große Stadt Heute Gehen wir in die Arena Hey, hallo Wie sieht das aus? Auf dem Weg zum Champ So eine Arena wie hier So, äh, hast du noch nicht gesehen? Weißt du, äh, und weißt du warum? Weil du es hier gar nicht sehen kannst Haha Sind es nämlich stockdunkel Aber keine Sorge Ich habe eine Taschenlampe Äh, die werde ich dir überlasten Die Trainer in die Arena Haben auch Taschenlampen Scheint eine Lampe auf einen Trainer Oder sie erwischen dich mit ihrer Es ist kämpfen Aha, es kommt noch was Sichtiges Es geht um die Fußbodenfelder Findet zuerst das blaue Feld im Raum Und merkt ihr sein Muster Äh, okay Das ist, äh Ich mag, dass man erstmal Eine unglaublich lange Erklärung bekommt Bevor man, äh, die Arena betritt Das ist, ähm Ziemlich, äh Aufmunternd Oh, ein bisschen zwirligt Hallo Ich würde gerne kämpfen, ehrlich gesagt Hey, du bist noch nicht mal In der Nahe der Tür Du weißt, äh, dass du mich besiegen musst Bevor du gehen kannst, oder? Ich schätze Äh, äh, ja Denke ich Äh, nicht so sicher, ehrlich gesagt Traunmagiel Oh, das ist ein gefährliches Pokémon Aber kein Problem für die gute alte Sitzbank Ich meine, ist Traunmagiel ein gefährliches Pokémon? Ich bin nicht mehr so sicher Es hat auch noch ein Traunmagiel Und es hat gerade Heuler eingesetzt Und Heuler für sich Ist nicht unbedingt einer der gefährlicheren Angriffe Machen wir so ein bisschen nichts vor Heuler ist, äh Der Angriff, den ich Ehrlich gesagt So gut wie nie Also einer der Angriffe Die ich so gut wie nie einsetze Und immer bei der Erstgelegenheit Auf jeden Fall verlerne Denn Heuler ist nicht gut Wenn wir sowas wie Charme haben Oder sowas Einfach den, äh, Angriff stark senkt Das ist okay Aber um eine Stufe Den Angriff senken Das ist es in nur sehr wenigen Situationen wert Wenn man vielleicht was fangen will Und das Pokémon nicht so viel Schaden machen soll Oder so Dann ist es wahrscheinlich okay Aber in meinen Situationen Absolut fürchterlich Und ein Wheelie Oh Gott, warte, ein Wheelie Oh nein Das wird ein bisschen dauern Machen wir erst mal einen Konfu-Strahl Ich denke, dann werde ich Einen Scheinwerfer machen Um die Spezial-Platerium zu senken Und, äh Ich bin dafür auf das Beste Komm schon und verletzt sich selbst Yes Vor Verwirrung Ich will, äh, kein Äh, dies, äh Destruktives Verhalten irgendwie Fördern oder so Aber Verletzt sich selbst, really Das ist, das Das klingt nicht gut Ähm Das Vertrauen gerade gesenkt Ich hab ja nicht eher aufgepasst Aber Ich schätze Ich mach mal eine Hydro-Pumpe an dem Punkt Ich denke, ich sollte akzeptablen Schaden machen Die Hydro-Pumpe trifft übrigens Wirklich gut Ich dachte, dass Hydro-Pumpe viel öfter nebengehen sollte Aber Ist ein sehr zuverlässiger Antrieb Was mich sehr erstaunt Und volle KP für die gute alte Sitzbank Ein paar Erfahrungspunkte Aber echt nicht viele Warum sind das so 468 gewesen? Ah Hey Level 10 Äh, Level 10 für Schneeblein Ak Ich, äh, hätte irgendwas Mit meinem Pokémon gewinnen sollen Mh Windpap an die erste Stelle Versuchen wir den gut erhalten Krokodok mal wieder Krokodok konnte lange nichts mehr machen Buh Habe ich dich erschreckt? Dieser Kampf wird uns Wird's auf jeden Fall tun Äh Ich bin so erschrocken von diesem Kampf Äh Äh, Libiskus Oh, das ist so gefährlich Was mach ich denn jetzt am besten? Krokodok sollte übrigens Bedroher haben Fürs Protokoll Oh Gott, nein Nicht Anziehung Ich meine, das ist Libiskus So ein Stück war das Anziehungspokémon Aber Starr vor Liebe Das ist okay Wir sind vorbereitet Keine Sorge, Krokodok Ich hab das richtige Mittel für dich Die rote Flöte Was ihr dachte Ich werde die nicht einsetzen können Aber, oh doch Wir haben einen Weg gefunden Bodycheck Das wird nicht so stark sein Von Libiskus Biss Hm Das ist bitte auch für meine Zeit Verschwinden, Libiskus Also, ernsthaft Und setzt bitte nicht nochmal Anziehung ein Das würde mich alles nur langwieriger machen Ja, mach mal den Bodycheck Ich mag, dass Bodycheck an sich Ein starker Angriff ist Der sogar Rückstoßschaden macht Und sowas Aber Wird von dem Libiskus eingesetzt Was einfach nur Ein kleiner, weicher Fisch ist Oh, Schneeblein ist auf Level 11 Oh, ups Das endet nicht wie gewünscht Mein Kopf endet wie gewünscht So Dann würde ich sagen Ich möchte ins Pokémon Center Und was Leute meint Weil ich meinte Oh, wer ist nicht besser Wenn man mit Pokémon Die Arena nicht einfach beliebig verlassen Und ins Pokémon Center gehen könnte Das ist Sache Die Pokémon Schwert und Schild Der Fall ist Ich erinnere mich nicht daran Weil Ich hab gar nicht versucht Das zu verlassen Ah ja Das ist scheinbar eine Sache Ich hatte absolut keine Ahnung mehr Ich hab's auch noch einmal gespielt Fürs Protokoll Pokémon Schwert und Schild War irgendwie Es war seit sehr vielen Jahren Die erste Pokémon Edition Die ich tatsächlich mal wieder Durchgespielt hab Also von denen die neue rauskamen Ich fand's eigentlich wirklich okay Also ich fand's sogar Wirklich spaßig Ich fand's auf jeden Fall spaßiger Als Omega Rubin Oder Sonne Oder Weiß ich hab's sonst noch Mein XY Hab ich als Neuweil Durchgespielt Aber danach auch Immer wieder abgebrochen Weiß nicht Irgendwas Und Schwert und Schild War eigentlich ganz nett Und Pacing her Schätze ich So Wir wollen zum Kreis So Wenn ich die andere Turn entlang gehe Versuch mir gleich Hallo Hast du dich verlaufen Oder amüsierst du dich Ich amüsiere mich hier gerade Im dunklen Ich hatte den Spaß Meines Lebens Goldini Das ist Zeitverschwendung Aber gut Gefundenes Fressen Für Krokodok Oh X-Abwehr Clever Ich weiß es recht Trotzdem ich will Um Irgendwas Auszuhalten Aber dennoch Schreck zurück Dieser Trainer Ist jetzt bestimmt stolz Auf sich Dass er sich dazu entschieden hat X-Abwehr Einzusetzen Stell ich mal vor Wie der Kampfausgang wäre Wenn es nicht der Fall Gewesen wäre Man will es sich gar nicht vorstellen Lass mich raten Du amüsierst dich Irgendwie so eine genervte Antwort Ich mag es Dass das hier einfach Zwirlichtstatuen sind Das ist ziemlich cool Wie fühlt es sich an Sich Schritt für Schritt In der Dunkelheit Die Dunkelheit zu begeben Ist ok an sich Ich war schon in dunkleren Höhnenpuppen und spielen Elite 4 Malcom Okay Elite 4 Malcom Zeig was du drauf hast Die Top 4 werden wir besiegen Mit der Aquaknarre Glavital ist ein Gesteins- und Boden 20 Und ein Fucano Oh der Bedroher Ich muss sagen Fucano ist schon sehr viel bedrohlicher Als Kokodok Deswegen Bestehe ich auf jeden Fall Warum das Bedroher hat Und Kokodok nicht Und der Silberblick Ich denke Ich lehne mich nicht zu weit Aus dem Fernseher Wenn ich behaupte Dass dieser Kampf So weit gelaufen ist Und das war vom Karno Wie viele Fallungspunkte Ja Geht halt auch echt nicht viel Ich schätze dich so ein Dass du furchtlos Ins Ungewisse aufbrichst Ich meine Das ist genau das Was ich mache Um diese Arena Zu schaffen Ich es ist so hell Überraschungsangriff Das ist ja Eine Überraschung Ace Trainer Tia Ein Klingplim Ich kann Klingplim So sehr nicht leiden Damit meine ich Mag es designtechnisch Nicht all zu sehr Was einfach nur eine dumme Glocke ist Mit Augen Zum anderen Ich glaube ich habe öfter Darüber geredet Aber Palim Palim Ist kein Pokémon Das eine Babyform Gebraucht hätte Palim Palim Ist auch schon so Wirklich nicht gut Warum gibt ihr ihm Eine Babyform Das ist absolut Das ist Das ist so dumm Das ist so dumm Das ist einfach nur Nein Das ist einfach nur dumm Palim Palim Selber ist schon So ein schlechtes Pokémon Dann gibt ihr ihm Eine Babyform Aber keine Weiterentwicklung Was dachten die sich dabei Wahrscheinlich für die Serie Oder so Schneeblein lernt Ah Verfolgung könnte noch hilfreich sein Auf jeden Fall hilfreicher als Heuler Hab ich schon gesagt Das Heuler der erste Angriff Wissen Ich überlerne Verfolgung könnte Irgendwann mal hilfreich sein Deine Stärke Ist regelrecht blendend Ich muss meine Augen bedecken Bedecke deine Augen Was haben wir hier für ein Muster Ein Herz Dich habe ich auch schon gekämpft Okay Das ist ein wirklich großer Raum Hast du ja Hast du hier Die Zeit verbunden In der Hoffnung Was Hast du hier Nur Zeit verbunden In der Hoffnung Dass ich dich sehe Und zu einem Kampf herausfordere Du bist ja bewusst Dass du ganz schön Was auf die Ohren bekommen wirst Ja Ich werde jetzt so hart Auf die Ohren bekommen Elite Elite for Kim Ich schau dich das griffe an Das gibt aber gewaltigen Ärger Für mich Eiszahn Stauner Staunig Und der Grokodok Ist nicht zurückgeschreckt Was ich übrigens auch hoffen will Denn Es ist ein Griffel Ich weiß nicht ob Griffel ein Pokémon ist Das eine mit irgendwas Jemals zum zurückschrecken Bewegen könnte Aber Wie es aussieht Da stimmt Grokodok mir Da soweit zu Und hat absolut Nicht vor sich Zurückschrecken zu lassen Zuhören hat der Erfahrungspunkte Schneeblein erreicht Level 14 Das geht wirklich schnell gerade Ich vermute Der Habitat ist auch ein Pokémon Das nicht unbedingt Allzu viele Erfahrungspunkte braucht Porygon Äh Ich weiß noch nicht wie es läuft Wenn man mit Kekleon kämpft Aber ich vermute es nicht gut Weil seine Angriffe einfach Innerhalb von kürzester Zeit Nach einem Angriff Kein Step mehr sind Und damit direkt sehr viel weniger Schaden austeilt In irgendeiner Randomized-Nazog hatte ich In Kekleon Das war Kekleon Wo war Kekleon War es Hard Gold und Soul Silver? War es Maragd Ich habe keine Ahnung Das hat bestimmt gute Arbeit geleistet Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr Aber ich hatte mal eins So Hier ist der Mond Wir gehen hier rein Ah okay Man landet dann am Anfang wieder Wenn man falsch geht Das ist ein bisschen langweil Ich dachte kurz Dass man vielleicht Dann gegen einen Bonustrainer kämpft Oder sowas Die hätte ich natürlich Auch noch mitnehmen müssen Aber so Auch okay Dann können wir direkt Zur richtigen Tür gehen Aber erstmal Werde ich mich auch fein Okay Besuchen wir so etwas Neues So das Zeichen hier Ist dieses Mal Das Quadrat Die werden also jedes Mal In den Raumverletz Geändert Hier haben wir einen Stern Wo ist der Stern Da ist kein Stern Das ist eine Sonne Kein Stern Stern Und wir sind bei der Arena Leiterin Da würde ich sagen Verlieren wir keine Zeit Ohoho Endlich bist du ihr R gekommen Seit in diesem Land ich gekommen bin Will ich immer neue Dinge lernen In dieser Stadt Gibt es die Wettbewerbe No Sage ich zu mir Ohoho Und Ich werde sie gewinnen Und das alt bin ich so angesogen Es ist wie eine große Performance Außerdem habe ich Pokémon viel studiert So ich bin die Arena Leiter Ja ist okay Können wir anfangen Kommt sie eigentlich aus der Region von Generation 6 Der Name mir entfallen ist Ich hoffe ich ob sie da vorkommt Ein Omot Omot ist gefundenes Fressen für Krokodok Auf vielen Ebenen Aber hauptsächlich weil ich Eiszahn beherrsche Omot war doch Käfer und Flug Nein ich glaube Omot ist Käfer und Gift So die Stachelspur ist tatsächlich äußerst Was ist denn die Mika? Komm schon Bist du von Typ Flug? Nein Das ist okay Dann können wir zur Abwechslung Biss einsetzen Nicht dass es einen Unterschied macht Aber Sei nicht verwirrt Äh Paralyisiert Das ist okay Krokodok kann auf jeden Fall eine Menge von Omot austanken Und ich werde Krokodok mal erstmal noch drin lassen Damit es das besiegt Und dann nachher werden wir weiter sehen Willst du eine Heilung vielleicht einsetzen? Das ist ziemlich gut Ich bin immer sehr dankbar Wenn Trainer ihre Heilung für nicht ganz so gute Pokémon verschwenden Konfusion Au Biss Willst du noch eine machen? Nein Okay Keine weitere Heilung mehr Aber dafür können wir den Kampf zu Ende bringen Schätze ich Paralyisiert Nächste Runde Machen wir die nächste Runde Kein Problem Sehr gut Dankeschön Krokodok Der Kampf hätte schneller vorbei sein können Wenn Krokodok nicht mit dem Eis dann einmal dein Leben geschlagen hätte Aber Ich werde dir verzeihen Krokodok Ich werde dir verzeihen Level 15 für Schnäblein Ein Tannhehl Ich denke ich werde die Gelegenheit nutzen Um ganz spontan und unauffällig Zur Sitzbank zu wechseln Fällt gerade auf Ich habe echt nicht viele Pokémon Die tatsächlich im Kampf was bringen Das ist ein bisschen kritisch Vor allem Gluter Sollte sich dringend weiterentwickeln Gluter ist in aktuellen Formen echt nicht so hilfreich Tannhehl ist glücklicherweise ein komplett nutzloser Gegner Tannhehl kann glaube ich Keinen anderen Angriff lernen Als Body Check Ich glaube in Tile Cloud In Konfusionen lernt es erst Wenn es sich zu Mähtang weiterentwickelt Das sollte also mein Leben Ungemein Erleichtern So Aquawelle Und Da geht Tannhehl Heilung Okay 2kp geheilt Und Schneeblein Bekommt kein Level ab Schnurrgast Das ist ein vernünftiges Letztes Pokémon Sind wir schon so weit Das ist meine letzte Pokémon Konfustrad Ich glaube Schnurrgast war vom Typ Ähm Typ Unlicht Warum soll ich mich da immer täuschen Das kann auch normal sein Ich glaube es war auch eins der Pokémon Von dem ich immer verwechsel Von welchen Typen es ist Einfach wegen der Farbe Weil es aussieht wie ein Unlicht Pokémon Aber keine Ahnung Äh versuchen wir die Hydro-Pumpe Die Finte Na dann wiederum Setzen es Finte ein Das ist schon äh Das spricht soweit erstmal für Unlicht Schaden macht Hydro-Pumpe Oh das ist hervorragend Viel Damage ehrlich gesagt Okay noch eine Hydro-Pumpe Und wir haben den Kampf gewonnen Wie es aussieht Ziemlich angenehm soweit Schnurrgast ist verwehrt Das hat sich vor Verwirrung selbst verletzt Hydro-Pumpe Yes Oh ich muss Rasierblatt Oh Ich muss Glut da Rasierblatt noch beibringen Die DM habe ich doch nicht grundlos gefunden Und äh so haben wir den Ordner lang Was das ist der dritte oder vierte Ordner Ich glaube es ist der dritte gerade mal Schneeblein erreicht Level 16 Du bist enorm stark Du beweist irgendwas Ich kann das so schnell nicht lesen Ich bin verblüfft Du bist sehr sehr stark Und deine Pokémon sind auch sehr stark Deine Stärke ist eine große Wunder Ich werde Gäben dir diese Orden Ey ich weiß nicht Irgendwas daran Wie sie redet Ich habe das Gefühl Ich weiß nicht Oh ich kann auflockern Außer meines Kampfes einsetzen Cool Dieser TM ist Ebelheap Also ähm Rasierblatt Rasierblatt wird der gute Gluter lernen Denn Gluter ist ein Rasierblatt der Kämpfer Ich würde sagen wir können Megasauger wegpacken dafür Ich meine ich mag die Idee Dass wir uns mit Megasauger aufheilen können Aber Megasauger schon echt schwach Kann der Himmelheap aus irgendwelchen Gründen jemand lernen? Krokodok und Trashy Ja ich werde Krokodok Himmelheap beibringen Ich meine Ich spreche nichts dagegen 85er Angriff Ja Raserei kann auf jeden Fall weg Und damit haben wir auch etwas weiter gestreutes Moveset Was auch schon mal ziemlich hilfreich ist Okay Dann äh Hauen wir ab soweit Moment Also wie nachschauen Welche Äh wie viele Orden wir haben MOP männlich Arena Leiter Warte Das war Orden Nummer 5 Ich muss den Orden sauber machen Moment Ich muss den auch sauber machen Der ist ganz verschmutzt Kann ich den noch Äh nicht noch weiter zum Glänz bringen Wir haben auf jeden Fall drei Ordner Warum ist die Reihenfolge so seltsam? Soll das so? Ich vermute Aber gut Dann haben wir eine Menge Abenteuer in Herzhofen erlebt Wir haben den Bell schon lange nicht mehr getroffen Oder Äh Ich würde jetzt sagen oder Team Galaktik Aber Team Galaktik haben wir eigentlich schon relativ Nah in der Vergangenheit getroffen Auflockern hilft mir aber jetzt auch nicht wirklich Ähm Irgendwo hinzugehen Auflockern bringt Dass man damit Nebel entfernen kann Worauf ich wahrscheinlich verzichten werde Weil Wenn ich dafür jemandem vor allem beibringen Ich glaube nicht Von kurz glaube ich auch nur eine Nebelstelle im Spiel oder so Auflockern ist dumm Spätestens bei Auflockern hätten sie darüber nachdenken sollen Ob sie nicht einfach Oh ja Hier ist das Oster vom Platz der Treue Ob sie nicht einfach Äh Vor allem knicken sollten Aber Zu dem Entschluss kamen sie erst Generation 5 Größtenteils Wenn sind Ich glaube man braucht den Schwarz und Weiß nur einmal den Zerschneider Und sonst sind alle vor allem optional oder so Vielleicht braucht man Surfer noch Aber keine Ahnung mehr Ich möchte mit Lutha spazieren gehen Genießen wir die Zeit Lutha Lutha gant zufrieden Stell dir vor es würde unzufrieden gant Sprich mit deinem Pokémon Manchmal findet es sogar Items Das mache ich Da liegt ein Item Eine Gieferbeere Schön Na ich glaube wir liegen keine Items am Boden Das bringt mich hier hin Bin ich wirklich was Das heißt wir müssen durch die andere Ruine gehen Die eine die noch übrig Warte hier sind noch zwei Wie komme ich da unten zum Item hin Da komme ich zu dem Wüstenteil Aber Hä Ich habe das Gefühl uns fehlt noch ein Weg irgendwie Und ich glaube ich bin gerade nicht in der Lage dazu herauszufinden wo der Weg ist Vielleicht kann man irgendwo Kraxler einsetzen Aber kann man irgendwo Kraxler einsetzen ist das eine Sache Ich sage es liegt daran dass man irgendwo Kraxler einsetzen kann um irgendwo hoch zu klettern Ja wir sind fertig mit Herzhofen Wo muss ich als nächstes überhaupt hin Was haben wir für Optionen Nach links geht es auch wieder nur zum Kraterberg Und im Kraterberg waren wir an sich Wir können doch hier einfach weitergehen Trostu und Route 209 Ich bin bei einem Professor Befreund und erzähle dir über folgendes Wenn du ein paar Pokémon in der Pension lässt Finden sich danach manchmal Eier Also etwas ähnliches wie Eier zumindest Ob es Professor Lindt wohl gut geht Der von der Schokolade Oh oh Tada Hast du mich schon wieder warten lassen Wer ist zwischen stärker Du oder ich Finden wir es jetzt sofort heraus Hey du bist jetzt ein Trainer Also musst du immerhin mit einem Kampf rechnen Kein Jammern Kein Zögern Und los geht's Lazy Jochen Das gefällt mir immer noch Oh Lazy Jochen Warum Warum Lazy Jochen Warum Warum hast du ein Kaioga Ähm Ich denke Das ist eine gute Gelegenheit Um direkt unsere Rasierplatte auszuprobieren Aquabelle Sollte nicht so viel Schaden machen Es ist halt doch immer noch ein Kaioga Und es regnet So ist auch eine Aquabelle Ein absolut zerstörerischer Angriff Rasierblatt Oh Gott Es ist stärker Äh es ist schneller Stärker ist es auch Aber hauptsächlich ist es schneller Okay Rasierblatt Schauen Wie viel Schaden macht das Okum ist noch knapp die Hälfte Oh ja Ich kann auch fies sein Ähm Ich kann auf jeden Fall Ich könnte jetzt auf jeden Fall Problemlos Äh Noch eine Aquabelle überleben Aber Es ist ein Volltreffer landet Wird der Gluter tot sein Das heißt Wir genehmigen uns mal eben In Supertran Weil ich ja auch genau 50 KP aufgehaltert Also Wird sowieso nicht sehr verschwendet Oder so an dem Punkt 24 Schadenspunkte Macht das Ganze Ich hoffe dass Rasierblatt Ein Volltreffer wird Rasierblatt ist angewählter Und Volltrefferquote Komm schon Komm schon Lass die Hochen auf jeden Fall Keine Heilung einsetzen Oh Hohoho Gluter Du hast den Kajoga Zu Boden gebracht Das ist eine kräftige Leistung Und Schneeblein erreicht Level 17 Schneeblein Oh Iroas Oh yes Oh yeah Bitte 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 Gib mir Iroas Iroas kann nicht daneben gehen Das heißt Wenn wir in der Nebelregion unterwegs sein Kann Iroas Sehr sehr hilfreich sein Wingal Ah Keine Flugangriffe Das heißt Ich würde echt gerne zu Krokodok auswechseln Los Krokodok Wingal setzt Weißnebel ein Oh Gott Der Weißnebel bringt das Spiel zum Crashen Soll ich auch Entfernt auflockern Auch Weißnebel Ich habe keine Ahnung Ich wundere mich Flügelschlag Ich wusste dass du Flügelschlag kannst Oder irgendwas anderes Derartiges Einen sogenannten Flugangriff Das war Wingal Ist nicht für seine Verteilung bekannt Muss man sagen Jetzt regnet weiter Was sagt der alte Jochen sonst noch alles Ein Dektri War Dektri sein Starterprogramm oder so Weiß nicht das erste Mal Dass er seinen Dektri einsetzt Ach komm schon Dektri hat sich eingegraben Ich werde so weiter auf jeden Fall auf die Aqua Knarre gehen Denn die Aqua Knarre sollte durch den Regen relativ akzeptabel verstärkt sein Und Dektri hat sowieso bekanntermaßen eine ziemlich miserable Verteidigung Ja Da ist nicht viel übrig geblieben Und es gibt einen Mega-Fahrungspunkt Level 28 für Krokodon Können wir überhaupt schon auf Level 28 sein Wir haben gerade mal drei Orden in dem Spiel Ab irgendeinem Punkt Ach ja Europe war das Starter-Pokémon Ab irgendeinem Punkt Sollten wir wahrscheinlich Schlag auf Schlag Orden bekommen Denn irgendwie Hier habe ich das Gefühl Wir sollten schon mindestens fünf Orden haben An dem Punkt oder so Von der Levelkurve her Aber wir werden sehen Wenn der nächste auftauchen wird Ach so ein bisschen Schwierigkeiten aufgeben Ist keine Option Das stimmt Das ist wirklich nicht Du kannst doch flüchten Auf Flucht drücken Aber es ist keine Option Hat sich aus dem Trainerkampf abzuhauen Und das war Europe Wie viel EP braucht Habitat noch? Auch noch ein paar Was? Du willst mir weismachen Dass ich verloren habe? Yeah Ah Soll das heißen Ich habe verloren? Ich hatte mir doch Eine absolut sichere Strategie Zurechtgelegt Hey Opie Männlich Sag mal Erinnerst du dich Ich habe eine Strategie? Jeder deiner Treffer Muss sitzen Lass dich nicht vom Gegner erwischen Das war eine abgefahrte Strategie Aber sie ist kein Roten Sie ist kein Roten Heller wert Hm Schätze ich muss jetzt Mehr Einsatz zeigen Und das Team richtig aufbauen Naja Dann verziehe ich mich mal Wir sehen uns Das nächste Mal Kippst du aus den Latsch Wenn du siehst Wie ich mich entwickelt hab Ich meine Du hast den Kaioga Und den Kampf trotzdem verloren Das ist ehrlich gesagt Ziemlich schwach Wenn ich das mal so sagen darf Denn Ich meine Komm schon Kaioga ist kein Pokémon Mit dem man einfach so Kämpfe verliert Ich würde meine Pokémon Unglaublich gerne aufhalten Und dann Verlassen wir Herzhofen Und dieses Mal Wirklich Unter Umständen Und dann wird Habitat Level 20 erreichen Und dann Dann Werden wir sehen Zu was jetzt sich entwickelt Ich persönlich hoffe Dass es zu einem Kaioga wird Ich weiß gar nicht Was ich mir sonst Generell wünschen würde Irgendwas Starkes Ich hätte auch unglaublich Gern mal Ich meine Despotan wäre ziemlich fürchtig Weil es Sandsturm macht Aber Ich hätte schon gerne mal Ein Despotan An Nasog Challenge Auch wenn wir zugegeben In Hardgold Und Zoll Silber nah dran waren Beziehungsweise Hardgold Lass mich mal sehen Wie gut du deine Pokémon Trainiert hast Hätte ich fast entzwangen können Aber Endeffekte Ich glaube da habe ich Irgendeinen Fehler gemacht Weil es ein Volltreffer wurde Oder sowas Irgendwas dummes Los Kokodok Der Biss Und Ironischerweise Warst du sogar ein Fleckmann Brunnen wo ich in Hardgold Das Aber Schneeblein ist gerade mal Level 18 Es wird auch noch ein bisschen mehr Es war ironischerweise Im Fleckmann Brunnen Wo ich das Despotan hätte fangen können In Hardgold Das war gerade ironisch Weil ich gegen einen Fleckmann entkämpft habe Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist Und Klammere Bitte nicht den Krokodok Das ist nicht gestartet Der Krokodok Will nicht Umarmt werden Und auch Im Klammern Ein Moorlord Ich denke immer noch Dass das bald dumm aussieht Aber ich denke Moorlord ist ein Gefundenes Fressen Für Gluta Sollte sich Gluta Nicht sogar auf Level 30 Weiter Ich sollte auch mal Google Wenn man sich das Weiterentwickelt Denn je früher Wer das Schellschereien loswerden Desto besser Wenn ihr mich fragt Und das war Moorlord Ein Boden Ein Boden Und Wasser Typ Wie sich herausstellt Kommt nicht gut Mit der Pflanzangriffen Zurecht Und da ist das Das wollte aber ich Haben Das gilt Überhaupt nicht Ich wollte Eins haben Und nicht mein Gegner Rasierblatt Oh es kann sogar schon Steinhagel Oh so stark So stark Auch wenn ich sagen muss Dass es sehr schade ist Dass mein Despoter Erdbeben nicht mehr Sterb ist Aber Könnt Despoter Trotzdem Erdbeben beibringen Und Neigt dazu Sehr stark Oh es kann doch Kreideschrei Oh mein Gott Kreideschrei Und Steinhagel Und dann ist der Gegner Soweit erledigt Oder Rasierklinge Gegen Er Rasierblatt Nicht Klinge Sondern Rasierblatt Gegen Despoter Dann ist Despoter erledigt Level 19 Für Schneeblein Wir sind so nah dran Sehr gut Der Poké Und seit In tadellosem Zustand Das ist mir auch schon Aufgefallen Ehrlich gesagt Packen wir es jetzt Mal an erster Stelle Und gehen ins Ruhe Gras Das ist doch Eine neue Route Richtig Lass mich das Mal eben noch Nachprüfen Route 209 Route 208 Ja Das ist neu Okay Das ist kein legendäres Pokémon Das ist schon mal Ziemlich gut Oh mein Gott Du Rizeros Oh das war es Genauso gut wie Vielleicht Wissen wir was Für ein Kontext Ist das sogar noch Besser Das ist sogar noch Besser als Einfach nur Ein Despot Dazu haben Das macht nämlich Kein Sandsturm Oh yes Wir können es Theoretisch auch Weiterentwickeln Oh was ist denn Eine Weiterentwicklung Wenn wir Das Ding uns Dafür bekommen Aber mal schauen Ah Geht so was Ist ja an dem Punkt gar nicht Mal die letzte Stufe Seht so was Überhaupt noch Stark Äh Wird schon stark Genug sein Sollte auf jeden Fall Gute Angriffe lernen Stampfer Yeah Stampfer macht Akzeptablen Schaden Vor allem dafür Dass es auf Level 17 ist Ah Hab ich irgendwas Ich denke ich könnte es Mit Krokodok und Einen Biss Erschwächen Oder Nein Ich wollte jetzt sagen Oder wir werden es Einfach fangen Aber Nein Nicht ganz Der guten Schlag Ah Krokodok Und dann wird Gebissen Und wir hoffen Dass es kein Volltreffer wird Ausnahmsweise Das mit der Verwirrung Gefällt mir gerade Auch gar nicht Okay Ich hatte kurz Ein bisschen Sorgen Dass der Biss Vielleicht zu stark Sein könnte Aber Meine Sorgen Waren dann doch Etwas unbegründet Das muss auch Jetzt drin bleiben Ich mein Hey 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 Ich hab dich so gut Geschwächt Und du läufst nicht Drin Guten Schlag Müssen wir auch Bis zum Auge behalten Dass ich sie nicht Zu oft einsetzt Denn sonst Wird Krokodok Irgendwann Enormen Schaden Nehmen Und das würde ich Doch auch Gerne vermeiden Ich drück gerade Runter und B Fürs Protokoll Für Rizros Wurde ein Eintrag Im Pokédex Angelegt Das steht noch Seem Hinterbei Dann hat es Klüger gemacht Leider ist es aber Auch sehr vergesslich Der Bohrer Ähm Nehmen wir Den Namen mit Bohr Bohr Was Wir nehmen einfach Bohrer Der Bohrer Dann laufen wir noch Kurz durchs Hohlgras Um ein wildes Pokons zu bekämpfen Welches uns dann Genug Erfahrungspunkte Gibt um Habitag Auf Level 20 Zu bringen Und dann können Wir uns mal Unser Team So weit anschauen Je nachdem Was wir dann Alles haben Eventuell Wir dann Relativ akzeptables Team So weit Parat Aber mal schauen Und Wahrscheinlich wird Stinklor Vielleicht Vielleicht Können wir Können wir dafür Aus Noch nicht ganz Alles passieren Wir müssen nur Darauf hoffen Wir müssen nur Daran glauben So Dann würde ich Sagen Wir suchen noch Schnell den trainer und dann bringen wir Habitat auf Level 20 und sehen, was wir bekommen. Dann sollte ich mich wahrscheinlich irgendwann mal darum kümmern, dass ich, ja, das ist ein Trainer. Hallo. Oh, eine Profi-Angel. Ich hätte gerne eine Profi-Angel. Dankeschön. Genau, und dann... Äh... Lass mich bitte Ruhe. Doppelter Spaß, doppelter Spaß. Ich meine, die Profi-Angel erinnert jetzt nicht allzu viel für uns. Gehst du auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Nein, nein, das tue ich nicht. Oh, da oben rechts wird noch ein Item gewesen. Eine Yonago-Bäre. Ja, das Item müssen wir mitnehmen. Generell schon lange nicht mehr auf das Itemradar geklickt. Hin und wieder sollte ich das noch machen. Auch wenn es echt nervig ist. Wir sind sehr... Wir sind stark, da wir zusammen kämpfen. Dann beweisen wir, ob ihr stark seid. Ich glaube dann, dass ihr stark seid, wenn ihr Diea-Gon-Palki einsetzt. Glurak und Skorgler. Erbärmlich. Außerdem sind das zwei Pokémon, die sehr gut im Kampf gegen die beiden sind gerade. Hydro-Pumpe auf Glurak. Und Eis-Zahn auf Skorgler. Sachen gut. Unangenehm. Glaubt ihr, wir bekommen im Laufe der Nasog noch einen Glurak. Ich meine, bisher habe ich in jeder anderen Nasog-Challenge, die ich zuletzt gemacht habe, mindestens zwei Glurak bekommen. Bisher haben wir nur ein Glumander hier. Ich meine, wir haben den Gluta, das zählt. Und vielleicht wird Gluta ja noch aus irgendwelchen Gründen zu einem Glurak. Das fände ich übrigens ziemlich cool, wenn Gluta noch ein wirklicher Gluta werden würde. Und Gluta ist ein guter. Aquaknarre. Der stärkste Angriff. Das war hervorragender Damage dafür, dass das so eine dumme Aquaknarre war. Mein Gott. Dein Wärum ist Kokodock auf sechs Level über dem Glurak. Okay. Und das sollte für ein Level abreichen? Komm schon. Level ab. Level ab. Level ab. Nein. Das ist kein Level ab. Wie ist das kein Level ab? Ich gehe jetzt zum Item rüber und hoffe, dass ich dann ein bisschen Pokémon sehe, damit wir Level ab bekommen. Komm schon. Du schon wieder. Hm. Maske Regen gibt halt nur echt wenig Erfahrungspunkte. Aber okay. Hydro-Pumpe. Mein Moral ist ein bisschen, was die Hydro-Pumpe angeht, ein bisschen angeknackst, seit sie gerade eben einmal daneben gegangen ist. ist immer noch eine wirklich gute Trefferquote, aber einmal daneben macht mich schon ein bisschen nervös, damit ich es auch weiterhin einsetzen sollte, ehrlich gesagt. Oh, sieben KP geheilt. Schneeblein erreicht Level 20. Darauf haben wir gewartet. Okay, Schneeblein, zu was willst du? Oh, yes! Der Name Schneeblein passt jetzt auch so fest und so viel besser. Dein Schneeblein wurde zu Voluminas. Schau ich den Schnabel an. Das ist ein mächtiger Schnabel, den der Schneeblein da hat. Gestein und Stahl. Mäßig prügelt sich gerne. Ich meine, da sind die guten Verteidigungen soweit. Die Angriffe sind ungünstig, aber ja, ich denke, das hat Potenzial soweit. Problem ist natürlich, dass wir jetzt zwei Wasser- und zwei Gesteinspokon im Team haben. Ich werde erstmal EP-Teiler soweit Rizeros geben, denn ich habe das Gefühl, Rizeros wird uns schneller tatsächlich im Kampf was bringen können, aber Schneeblein werde ich nicht vergessen. Vielleicht sollte ich ah Ich würde Schneeblein an sich auch gerne jetzt direkt trainieren, aber ich glaube, es kann nicht für sich selbst kämpfen. Noch nicht, weil es nicht wirklich Angriffe hat, die irgendwas bringen. Habe ich an TMs irgendwas? Stahl oder ich brauche einen Stahl- oder Gesteinsangriff. Ja, wieso wirklich? Das ist überhaupt nicht. Ach 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 Schwierig Ich würde fast sagen Wir haben eine Menge Pokémon gefangen Wir haben eine Menge Pokémon entwickelt und unser Team Ich denke, es ist soweit ziemlich cool Ich muss nur noch ein bisschen trainiert bekommen Ich denke, ich werde mal schauen, dass ich bis zum nächsten Mal Rizeros und Voluminas noch ein bisschen trainieren werde Irgendwo gegen wilde Pokémon Vor allem Rizeros sollte sich da okay anstellen Das hier ungefähr Ich würde gerne anstreben, dass die WX auf Level 25 sind Und dann würde ich sagen Das werde ich bis zum nächsten Mal in Angriff nehmen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und äh, gute Nacht Und dann gehen wir weiter mit einem vollen Team Bis auf Trash Ja, aber Trash wird da Das wird dann wieder relevant wenn es sich weiterentwickeln kann Okay Trash hat für uns beim letzten Mal den Wettbewerb gewonnen Und das ist eine große Leistung Ich möchte nicht, dass das untermauert wird Äh, bis dann Gute Nacht Gute Nacht Ich habe mir in der Zwischenzeit Und dann muss das Sofälig überhaupt das Item dafür finden werde Hallo, ich bin ein Pokémon Hallo, ich auch Sofälig das Item Sofälig das überhaupt dafür finden werde Was braucht man nochmal? Ich weiß nicht mehr Was der Name war Aber ihr wisst genau was man dafür braucht, das Item das Name mir entfallen ist das braucht man dafür auf jeden Fall und man muss eigentlich dann Rizeros tauschen, um Rizeros zu bekommen, aber beziehungsweise Tauschentwicklungen sind sowieso aus, ich vermute das Ganze wird so geregelt sein, dass man ein Item, dem Pokémon zentral geben muss, mit dem man sonst tauschen muss und dann wahrscheinlich ein Level-Up damit machen, ehrlich gesagt aber wie gesagt, ich denke ich werde Rizeros einfach so belassen, wie es ist, weil ich denke Rizeros ist zum einen ein ziemlich cool Pokémon, ich meine es hat seinen Grund, warum in allen Arenen Statuen von Rizeros sind, okay, und zum anderen sollte es eigentlich an sich auch stark genug sein weiß gar nicht, weil Rizeros Pokémons eine Weiterentwicklung gebraucht hätte, kann wahrscheinlich nicht schaden, in dem Fall ich glaube ich hätte aber lieber eine Rizeros Mega Entwicklung gesehen, ehrlich gesagt dann wiederum haben sie Mega-Entwicklungen sowieso nach Generation 6 wieder so ziemlich gekickt deswegen wäre es besser, dass wir keinen bekommen haben, sonst nur eine Enttäuschung, weil sie dann einfach wieder verschwunden ist, außer es geht um Mega-Voltenso, Mega-Voltenso wird niemand vermissen haben die Mega-Voltenso gesehen, wissen wir was das Problem an Mega-Voltenso ist sieht dumm aus, ganz recht ganz recht ich wollte nicht Hydro-Pumpe machen, aber das wird sowieso nervig, was Lichtschild gemacht hat, warum sieht der Sprite so seltsam aus sollte Ledian so lange Beine haben, ich habe das Gefühl, Ledian sollte keine so lange Beine haben, das ist seltsam und ich hasse es, dass es Lichtschild eingesetzt hat ich hasse es ihr wisst gar nicht wie sehr, warum kannst du Tempo-Heap und warum macht es trotzdem keinen Schaden und warum macht es trotzdem keinen Schaden Ledian ist so ein Pokémon, auf den ich mich frage, ob ich es im Kontext einer Nase-Dock Challenge jemals verwenden würde, weil es sollte einfach dermaßen schlecht sein ich weiß nicht, ob es irgendeine Situation gibt, wo man Ledian verwenden will ich würde einfach mal behaupten, die Antwort ist nein, nein ich lege inzwischen eine regionale Form, ich hoffe doch ich meine, ich denke nicht, aber ich hoffe es oh, natürlich noch Reflektor Sache ist, ich bin nicht ganz sehr up-to-date was die ganzen neuen äh, was war die neue Region von Schwert und Schild aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme neuer Region, ich glaube es war die Gala-Region was da die neuen Pokémon angeht ja, 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 ich habe die DLCs nicht gespielt, oder das DLC, oder wie auch immer Metacross und Fußstrahl sollte treffen nein, okay das ist ja Bodyguard oh mein Gott, die sind einfach gegen sind einfach vor allem beschützt, was es gibt das ist ein bisschen kritisch Lichtschild funktioniert nicht mehr das ist nicht mehr ganz so kritisch Hydro-Pumpe bringen wir das Metacross zum Rosten und das war absolut geschmeidig würde ich einfach mal behaupten und jetzt was bekommt 7 KP dazu Wahnsinn 450 das bedeutet, äh, Rizeros sollte ich meine natürlich Bohrer das wird direkt auch ein paar Forms-Bug bekommen Abgesang äh na, na, wir haben nein, wenn wir wenn wir mehr Slots hätten, würde ich sagen ja, für den Fall der Fell eventuell, aber so oh Gott, ich wünsche ich hätte Abgesang geholt meine Lüge das Darkrai ist gerade mal auf Level 20 oh, ich habe die Schnauze was geht's, Krokodok? zeig mal, ob du Darkrai Himmel hiepen kannst das Pokémon denkt, es ist was Besseres weil es sich auf dem Cover befindet ich sage nein Himmel hieb das Problem ist nur, dass noch, ähm der Reflektor aktiv sein wird aber, äh sollte trotzdem okay sein seht ihr das? Krokodok ist ein Biest Unheilböen die verbreiten zu viel Unheil aber wir haben es überlebt Himmel hieb oh, und das war Darkrai ich glaube, ich bin relativ froh dass wir, ähm im wirklichen Early Game des Spiels keine der Starkling die an Pokémon angetroffen haben das war relativ glücklich weil, wenn man irgendwie auf Level 15 oder so ist mit dem Rayquaza zu tun hat kann gefährlich werden das kann durchaus mal gefährlich werden aber so ist das alles äh relativ geschmeidig gelaufen das erste von den wirklich starken oh ja, wir hatten das Palkia äh von Team Galactic Mars aber das war auch okay an sich würde ich sagen allein weil Drachenwut zum Zeitpunkt nein, haben wir jetzt mal überhaupt nicht okay mir ist gerade wieder eingefallen das ist überhaupt nicht okay aber es war super knapp das wäre fast deutlich schiefgegangen ich glaube, das war der Kampf wo ich Kanoni opfern musste, oder? wuh, das ist mir fast schiefgegangen dieses Palkia war stark Kicher, sie haben sich durch viel Zuneigung äh, weiterentwickelt dann kann ich nur, äh mitkichern ganz fröhlich was haben wir hier? eine Chiari-Bäre ich werde nochmal schnell schauen ob hier noch einige Trainer sind denn wenn ja, würde ich sagen ja, wisst ihr was? ich würde sagen ich gehe schnell noch ins Pokémon Center und dann, äh spüren wir schnell durch die Route und, äh bringen sie dann schnell zu Ende oh nein, was mir gerade einfällt erinnert mich noch dass ich bis zu diesem Video, äh Rizeros und oh nein und schnell mich ja noch auf Lamp 25 trainieren wollte das habe ich vergessen wisst ihr was? ich glaube, wir werden, äh noch kurz durch das Training speeden und dann durch den Rest der Route ehrlich gesagt oh, das habe ich einfach komplett vergessen oh nein, was mir gerade einfällt kannst du, dass sich Rizeros weiterentwickelt, wenn es Felswurf lernt? oh Gott äh eventuell will ich keinen Felswurf lernen wenn ich das, äh die Option dazu habe mit dem Okay, wir sind angekommen Nein Hallo Hey Wuppi-Männlich, ich habe hier was Tolles, pass auf Was denn aller, worum geht es hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen sie anzubringen Oh klar, es liegt daran, dass ich hier in den Ruinen war Ruinen hier sind toll, du musst sie unbedingt ansehen Ich habe dort sogar die versteckte Maschine auflockern gefunden Wie auch immer, wir kämpfen einander mal, bis dann Bis dann Okay Der hat sich ein bisschen gezogen Vor allem das Rizzeros trainieren Ich meine Bora, denn oh mein Gott Ich habe immer gegen Schnurrgas gekämpft Was 500 Erfahrungspunkte gegeben hat, jeweils was Gutes Aber es hat immer Hypnose und Heule eingesetzt Es war frustrierend Generell ist Bora aktuell noch nicht unbedingt allzu stark Aber ich bin mir sicher, es wird es noch einpendeln So, ich glaube in Trostow war die Pension Pokémon-Zeitung sucht Profi-Pokémon-Fänger Oh yeah, die wollen immer, dass wir ihnen irgendein Pokémon bringen Das könnte im Randomizer relativ schwer werden Behaupte ich einfach mal Ich weiß übrigens nicht, warum ich die Bären überhaupt mitnehme Es ist nicht so, als ob ich irgendeine davon für irgendwas brauchen werde Aber ich habe das Gefühl, es würde sich falsch anfühlen, wenn ich sie nicht mitnehmen würde Deswegen muss ich leider sagen, so viel Zeit müssen wir uns dann doch nehmen Und eine Nanna-Bäre Die sieht nicht aus wie eine Nanna-Bäre Nanna-Bären sind nicht rosa, aber okay Vielleicht sind die Bären, die man bekommt, randomized Ich glaube nicht Was habt ihr denn schönes? Ihr habt super Bälle Mein Gott, es wurde auch Zeit und super Schutz Sie haben einfach an alles gedacht Ich habe so viel Geld Kennt das Problem? Nicht super Trank Super Ball Nehmen wir erstmal 15 Stück mit Sollte okay sein Das wäre eben so viel Geld übrig Ich kann auch einfach noch ein bisschen super Schutz mitnehmen Sagen wir noch 10 Ich denke, das ist fair Fluchtseil Man kann die wissen Drei Stück ist, denke ich, ganz gut, wenn man dabei hat Was verkauft denn die andere Äh, nein, der Verkäufer Netzball, Netzball Finsterball Hallo Finsterball Ich hätte gerne 15 Stück Damit meine ich 14, damit ich 15 habe Da würde ich sagen Wir sind direkt mit Zwei der wahrscheinlich besten Poké-Bälle im Spiel Die einen großen Teil der Pokémon-Abdecken ausgestattet Deine Begegnungen mit Pokémon sind praktisch deine Geschichte Es gibt ein Zubehör für den Poké-Gnamens Pokémon-Historie Damit kannst du die Historie alle deiner Pokémon-Begegnungen einsehen Ah ja Die Pokémon-Historie, der zuletzt erhalten Pokémon So, so Ich bin so klein, deswegen weiß ich nicht, wie man kämpft Die nette Pensionsleiterin sieht mein Pokémon für mich auf Als ich Kristall damals gespielt habe Ich habe einen Zubat gefangen In der, äh, einen Finsterhöhle Wie wahrscheinlich die meisten Leute Und das Zubat habe ich dann eine Pension abgegeben, weil ich es nicht trainiert habe Und Das war jetzt zum Zeitpunkt, als ich jemanden gegen Bianca verloren habe Und, ähm, ja, ich konnte es dann nicht für lange Zeit abholen, weil ich schlicht und greifend kein Geld dafür hatte Das war deprimierend So, das ist ein eigenes Gebiet, richtig? Rute 209 und das ist Ja, das sollte einer sein Diesmal drohen die Geister Bitte sei leise und zeig Respekt Shhh Shhh Äh, das ist, das ist, das ist ein eigenes Gebiet Wisst ihr was, das ist ein eigenes Gebiet Ist mir egal Yes! Moment Äh, doch, ist okay Wickelt sich leider erst auf Level 30, aber Das werden wir auf jeden Fall für den Fall der Fälle mitnehmen Und sehen, ob wir es nicht jetzt irgendwas Coolen entwickeln können Irgendwann mal Aber erstmal muss ich sagen Leider haben wir keinen Platz im Team Und wir haben noch andere Pokémon, die darauf warten, entwickelt zu werden Weil generell ist Montier ziemlich cool Wenn es zu Letarking werden könnte Weil das natürlich absolut fantastisch Letarking ist so ein gutes Pokémon, aber Leider sind Entwicklungen randomized Ähm Ja, kein Finsterball Oh, und ich habe zwischendurch auch einen Timerball gefunden Was auch ganz nett war Finsterball sollte gültig sein hier drin Nein, wir sind Es ist Abend Zum einen, zum anderen sind wir in einem dunklen Ort Montier wurde gefangen Montier, der Wildaffe Sein Herz schlägt schneller als das andere Lebewesen Daher kann es nicht für einen Moment still sitzen Das kenne ich Dann würde ich sagen Es gibt nur einen angemessen Namen für so eine Person Und das ist natürlich Zappel Viel Zappel Philipp passt nicht Also machen wir ihn zum Zappel Phil Hey Zappel Phil Wie wär's, wenn du mal still hältst? So weit, so gut würde ich sagen So weit, so gut Dies ist der Turm der Runen denn In ihm herrscht ein dicker Nebel Der immer dichter wird Je höher du im Turm steigst Wenn du die versteckte Maschine auflockern Nicht besitzt Und hier nichts verloren hast Geh nicht hinauf Ich denke Ich werde trotzdem rauf gehen Immer schön respektvoll bleiben Und scannen Ah, Gespenst Weg hier Hilf mir Team Team Hilf mir Also Was hast du auf Lager Artist Esteban Uh Ähm Okay Ähm Ähm Äh Der Krokodok Krokodok Ähm Feuerodem Geschaden macht der Feuerodem Es sind's ja gar kein Scheiß Ich sehe auch gerade Dass äh Geratina Neuen Level unter mir ist Da sollte mein Level Äh Mein Leben auch etwas erleichtern Aber Erschreckend Durchaus erschreckend Wenn man in den Friedhof Turm geht Und dann direkt sowas vorfindet Aber mein Gott Krokodok Leistet hervorragende Arbeit Hier gerade Kann man nicht anders sagen Ich glaube übrigens Dass Borah auch echt hilfreich sein wird Wenn Borah irgendwann mal Wenn tatsächlich Gestein oder Boden Angriff lernen wird Aber das wird irgendwann Passiert Glaubt mir einfach Eines Tages Regi Rock Äh Äh Folgende Situation Äh Hört ihr das? Piep 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 Das ist das Bombenentschärfungskommando Und das Bombenentschärfungskommando Will uns damit gerade mitteilen Das hier höchste Explosionsgefahr ist Und ihr unter Umständen Äh Zu einem Nasarich weiterentwickelt Aquabelle Sollte nicht ausreichen Das ist ein Habitat Das ist üblicherweise Nicht unbedingt Stark Ja Das ist manche mit Nicht unbedingt stark Und das Bank Heizig weiter Absolut hervorragend Ich finde es ein bisschen nervig Hey hau einfach ab Das Problem ist aber Ich kann nicht einfach abhauen Denn Bora ist Entsetzlich langsam Und hat eine Entsetzlich niedrige Spezialverteidigung Das heißt Wenn Alavis einfach nur sowas Wie eine Aqua Knarre Eingesetzt hätte Ich glaube Äh Bora hätte sterben können Dabei Ich lache Aber ich mache mir große Sorge Genauso wie Äh Dieses zweimal nacheinander Kreideschrei einsetzen Das ist Das ist nicht cool Können wir das bitte Können wir uns bitte Auf einigen Dass wir das nicht machen Ja Nein Vielleicht Das wäre nämlich echt cool Wenn wir das nicht machen würden Und Gluter Reichle Wie 27 Wann entwickelt sich eigentlich Gluter weiter Du wirst schon wieder Megasauger lernen Nein Nein Ich möchte Megasauger Nicht schon wieder lernen Äh Ich glaube ich schaue mal Wann sich Gluter weiterentwickelt Auf Level 32 Das heißt Nun steht noch ein bisschen was bevor Hm So jetzt wird die ganze Sache Unangenehm Ich würde sogar fast sagen Die ganze Sache wird so Unangenehm Dass ich Darüber nachdenken würde Einfach einen Superschutz Einzusetzen Damit wir uns wenigstens Nicht mit den wilden Pokémon Auseinandersetzen müssen Sag mal Wie geht es hier weiter Hier unten geht es weiter Okay Bleiben noch die Trainer Aber Jetzt werden wir gerade noch Überstehen Mein Pokémon wurde mir gestohlen Team Galactic war das Ich habe mehrere Gesichter gemerkt Achso Und deswegen kämpfst du jetzt hier Welchen Pokémon kämpfst du überhaupt gerade Gegen mich Mit denen du noch übrig hast Schau ich das Garados an Lombriaro Wasserpflanzentyp Hey Sind das nicht zwei Vierfachschwächen von Griezeros auf einmal Das ist ja schön Freut mich Ähm Ich denke ich Luther wird sich okay Dagegen anstellen Mein Gott Griezeros hat Viele Schwächen Ich habe das Gefühl Generell eine Doppelschwäche Gegen Wasser Und Pflanze zu haben Das ist nicht gut Das ist nicht gut Äh Rasierblatt Triplette Vorhin hat Ähm Ein Kapaloris Naturkraft eingesetzt Und es wurde einfach Zu Erdbeben Hört dann fast Den eigenen Freund Gekehlt Und wunderschön Zum Glück habe ich Rasierblatt eingesetzt Denn die Triplette Hat uns direkt Beim ersten Try verbrannt Aktuell läuft es Nicht so glücklich Wie kannst du mich Überhaupt so gut treffen Müsst du nicht Irgendein Andriff Irgendwann mal Also ich auch hoffe Dass ein Andriff Irgendwann mal daneben geht Es herrscht einfach Dichter Nebel Oh nein Ich weigere mich Irgendjemandem Auflockerung beizubringen Ich denke Auflockerung Ist ein dummer Angriff Es ist eine dumme VM Die sehr erzwungen wirkt Und ich weigere mich Ihr Beachtung zu schenken Ehrlich gesagt So habe ich was gegen Verbrennung dabei Zufälligerweise Das wäre nämlich Echt gut für Gluter Hey Level 24 Und es lernt immer noch Kein Andriff Cool Und was mir eingefallen Ist man braucht doch Ein Man muss Rihornia Um es zu bekommen Muss man doch Tauschen mit einem Item So ein Verstärker Oder ich habe keine Ahnung Irgendwie sowas in der Richtung Oh ja Wir hatten hier ein paar Hyperheiler von Trashy Ich weiß Wenn wir die direkt einsetzen Das heißt Wir müssen uns keine Und das ist ein Feuerheiler Wir müssen uns keine Allzu großen Sorgen Darum machen Dass Rihorn Beziehungsweise Bora Beziehungsweise Rizeros Sich einfach weiterentwickelt Ohne dass ich es möchte Dafür müssen wir Im ersten Item geben Und Können wir kurz über Das Regelwerk reden Das ist eine Sache Die ich ja oft gelesen habe Die Frage Uh Giftstich Interessant Darf ich die Entwicklung Von meinen Pokémon Abbrechen Ich meine Ich könnte ja einfach schauen Was für ein Pokémon ich bekomme Und dann sagen Na das will ich nicht Bleib lieber bei dem Was ich aktuell habe Was seltsam ist Weil nicht vollen Fickten Pokémon sind Möglicherweise ein Problem Das heißt wäre so oder so Kein guter Ansatz Entei Das ist ein vernünftiger Gegner Aber gleichzeitig würde ich sagen Nein auf keinen Fall Darf ich die Entwicklung Ich habe das Gefühl Das wäre ziemlich cheap Wenn ich das einfach machen könnte Dementsprechend Ja werden wir einfach Wir werden sehen was wir bekommen Und wir werden damit leben Wenn aber sich ein Pokémon Von sich aus nicht weiterentwickelt Wie in dem Falle jetzt Natürlich Will ich ja Und Gizeros Beziehungsweise Borat Dann Was soll ich sagen Dann ist das wohl Nicht meine Schuld Dann kann ich ja wohl Nichts machen Ich meine Ich muss nicht alles In meiner Macht stehende tun Um eine Entwicklung Zu ermöglichen Aber wenn sie passiert Dann passiert sie Die Hydro-Pumpe Ist keine gute Entscheidung Für dieses Gebiet hier Und ich habe keine AP mehr Für diese Attacke Das ging schnell Okay Man's God Wobei Das große Ei In der Mitte Wie viel Schaden nimmt Wobei dadurch Zubtabel viel Ehrlich gesagt Wir bleiben bei Sitzbank Wir werden sowieso Früher oder später Wieder zu Entei Zurück loopen Aquarelle Ja Mach einfach Wobei wird sie Je nicht zur Wehr setzen können Ich glaube das Schlimmste Was einsetzen kann Ist Hypnose Und Hypnose wäre einfach Nur nervig Ist eine Heilung Eine Citro-Beere Okay Für eine Citro-Beere Waren das nicht Für die Kaffee Die du gerade Regeneriert hast Kugelsaat Ja ich meine Ova ist Kein starkes Pokémon Es tut mir leid Dass ihr es auf die Art Von mir erfahren müsst Aber Ova ist Wirklich nicht stark Dementsprechend war Das absolut kein Problem Okay Ova ist soweit besiegt Und Bora Könnte eventuell Nach dem Entei Auch mal wieder Ein Level abbekommen Was ganz hilfreich wäre Denn Bora Braucht immer noch Einen Angriff Der was bringt Was herrschte ich Dein Hebel Mh Visa Floor Mh Ah Es ist Gluterzeit Das Problem ist Dass Visa Floor Auch eventuell Gifteingriffe hat Und die sind Für Gluter Nicht gut Rasierblatt dagegen Nein Da steht Gluter weg Das ist kein Problem Ähm Braucht Gut schätze ich Rasierblatt Schau ich Schau ich dir Den Ausfallschritt Von Visa Floor an Dieses Pokémon Ist bereit zu tanzen Es ist bereit Den Tanz des Krieges Zu tanzen Das ist ein ziemlich Guter Sprite Wenn ich einfach nur damit sage Und Oh Über die Hälfte Was an den Citrober Das heißt Wir müssen trotzdem Bremer angreifen Aber das war schwer in Ordnung Dann hoffe ich mal Dass ich durch den Nebel Noch weiterhin treffen werde Nein Giftpuder Ich habe das Gefühl Der Nebel Ich habe mich dazu Schlossen ihn zu ignorieren Aber Langsam aber sicher Scheint die Kämpfe Etwas in die Länge zu ziehen Aber Die Sache mit dem Nebel ist Er behindert Nicht nur mich Dabei zu kämpfen Sondern auch meinen Gegner Das heißt Ist er wirklich schlecht Bin mir dann nicht so sicher Ehrlich gesagt Wenn wir beide Gleichermaßen Schlechter Schlechter treffen können Ich denke Das ist fair Soweit Für alle Beteiligten Er nimmt Schaden Durch Gift Okay Ich habe mich um Wie viel Der Nebel Die Genauigkeit senkt Ich habe mir vorstellen Dass es gerade mal Zehn Punkte oder so sind Beziehungsweise Eine Stufe Ich weiß nicht Ob eine Stufe Zehn Punkte entspricht Wahrscheinlich Au Entei Übt seine Fähigkeit Erzwinger aus Dann würde ich sagen Sitzbank Es ist wieder mal An der Zeit Das Entei Zu bezwingen Erneut Und diesmal Kann es nicht wegrennen Oh mein Gott Hör bitte auf So was Okay 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 Soll immer recht sein Dann friss den Stempfer Vielleicht schreckst du zurück Das wäre eigentlich Ziemlich cool Kannst du zurückstecken bitte Oh Natürlich hat der auch Ne Citro Beere Warum habt ihr alle Citro Beeren Gab es die im Angebot Oder so Okay Gleich haben wir es überstanden Ab für sich Haben die hier aktuell Im Turm Ziemlich starke Trainer Können wir mal darüber reden Wir haben jetzt gegen Rigi Rock gekämpft Gegen Darkrai Und jetzt gegen Entei Wisst ihr was Wisst ihr was Ich vertraue Trashy Trashy Ich vertraue dir Lass mich jetzt nicht Als Idiot dastehen Deswegen Siehst du Entei hat Angst vor dir Er spürt Dass es nicht Gegen die Macht Von Trashy Gewachsen ist Volltreffer Und der Bist Der wird nicht viel bringen Wird Trashy Das Entei Zum Fallen bringen Ich hoffe doch sehr Und Gift Schleim Heilt natürlich Ne Menge Komm schon Yes Trashy ist ein Biest Ich glaube Trashy Hat sich erst auf Level 34 Weiterentwickelt Das heißt wir müssen Trashy leider noch Weitern Ein bisschen ignorieren Hm Was habe ich gerade gemacht Aber früher oder später Wird es Trashy Zeit sein Okay Die Zeit wird kommen Es ist nicht mehr lange Bis dahin Gegen Gift Ich wünsche ich hätte Mein Tränke gekauft Wird schon gut gehen Ich meine Was soll schon passieren Wenn ich während dem Kampf Keine Tränke mehr übrig habe Nichts Nichts kann passieren Richtig Okay der Nebel wird dichter Hast du nicht eine Krankenschwester Oder so Ich muss meine Sorgen abschütteln Bitte kämpfe gegen mich Äh Ich weiß nicht Ob das ein guter Weg ist Um Seinen Sorgen umzugehen Aber okay Oh das ist überhaupt kein guter Weg Um mit seinen Sorgen umzugehen Warum habt ihr alle Regis hier Äh Wen setzt es mir ein Ich denke ich gehe am besten Wieder aufs Sitzbank Und wir hoffen Dass ein paar Aquawellen Okay Arbeit leisten werden Fluch Damit höre ich seinen Angriff Und seine Verteidigung Das könnte Auf lange Sicht Vision problematisch werden Nicht unbedingt der Verteidigungspunkt Weil ich viele Pokémon habe Die speziell angreifen Aber der Angriffspunkt Der gefällt mir nicht Eventuell hat Regis hier Nämlich auch noch Antikkraft übrig Ganz zu schweigen Von der potenziellen Explosion Die kritisch wäre Erst jetzt nochmal Fluch rein Der Angriff wurde soeben verdoppelt Ähm Hm Das ist nicht gut Ah Konfustrahl Die Sache ist Konfustrahl Nein Detailklau ist neutral Das ist ebenfalls schlecht Äh Konfustrahl Wird eine Menge Schaden machen Wird registriert Beziehungsweise Registriert Wenn es verwehrt ist Wird sich eine Menge Schaden selbst zufügen Dadurch dass es Seinen Angriff stark gesteigert hat Er will aber auch Seine Verteidigung Gleicht sich das aus Ich habe absolut keine Ahnung Durch der Schaden bei Ich meine ich weiß Dass der Schaden Je nachdem wie hoch Der Angriff ist Berechnet wird Ich glaube Hängt auch davon ab Wie hoch die Verteidigung ist So wir sind jetzt gerade In In einer Echt Unguten Situation Das ist Wirklich nicht gut Dass Registriert Dreimal seine Stats Erhöht hat Komm schon Warum ist der Schaden Von Sitzbank Auch nicht so gut Komm schon Yes Okay Ja okay Ah der Schaden Wird nicht erhöht Und natürlich Hat es eine Citro Bäre Mir gefällt dieser Kampf Nicht Mir gefällt dieser Kampf Überhaupt nicht Ich habe schon Beteilklaue Wie viel Schaden macht Beteilklaue Beteilklaue kann seinen Angriff steigern Das ist ebenfalls Ähm Ähm Oh mein Gott Bitte nicht Warum gehen meine Angriffe Alle daneben Ich habe auch keine Heilung mehr Oh Gott Oh Gott Was mache ich jetzt Was mache ich jetzt Was mache ich jetzt Ähm Krokodok wird auf jeden Fall Eine Metallschlaue Überleben können Der Krokodok Krokodok Oh Gott Nein Oh Gott Nein 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 Okay Das macht nicht so viel Schaden Okay Das war Das war Das war gut Oh wir haben Himmelheep Also der Verteilung wurde stark erhöht Himmelheep wird da nicht viel Durchschlagen können Aquaknach ist generell schwach X-Tempo X-Angriff X-Spezial Äh Das bringt eislich so viel Ah Ich würde gerne Supertrank Auf Das Sitzbank nimmt so viel Schaden Ich weiß nicht Ob der Supertrank Wirklich was Hilft in der Situation Versuchen wir die Aquaknabe Und schauen was passiert Oh mein Gott Das ist so dermaßen schlecht Das ist so dermaßen schlecht Oh mein Gott Krokodok Krokodok Nein 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 Ich weiß nicht was passiert Wenn Registrier jetzt Angreifen wird Ich weiß nicht was passieren wird Die Aquaknache wird viel zu wenig Schaden machen Da bin ich mir so sicher Oh Gott Oh Gott Oh Krokodok hat sehr hohe Verteidigung Ich bin sehr erstaunt Ehrlich gesagt Wir kallen Krokodok mal eben auf Mit einem Supertrank Das ist wichtig Mit dem Supertrank Krokodok Lass ihr den nicht nehmen Der ist nämlich wichtig für uns Hier ist jemand Stampfer Und der Stampfer geht daneben Das ist hervorragend Das bedeutet Wir haben eine Runde Zeit rausgeholt Und in der einen Runde Zeit Werde ich Ich spezial auf Krokodok machen Damit die Aquaknache Ein bisschen mehr Schaden macht Mit Oh Nochmal daneben Der Nebel rettet uns gerade Aquaknache Man wird nicht so viel Schaden machen Aber Ja Gerade so ausreichend Solange er registriert Kein Volltreffer landet Sollten wir Okay Schön Ähm ja Aber solange Registrier nicht noch Ein Volltreffer landet Sollten wir Äh Überleben können Lande bitte nicht noch Ein Volltreffer Das fände ich echt cool Okay Dankeschön Wollte ich mal Noch haben wir nicht gewonnen Und das ist Eine korrekte Einschätzung Der Lage Noch haben wir nicht gewonnen Die gute Sache ist, dadurch, dass Registril so unfassbar langsam ist Könnte ich theoretisch dann auch zu Chilchereien wechseln und einfach Das werde ich jetzt auch machen Und Ja, Krokodok hat kein Leben Und ich kann Krokodok nicht nur auffallen Zum einen habe ich keine Heilung mehr und zum anderen darf ich nicht Wir wechseln rüber und versuchen Eine Drachenwut rauszuhauen Ich hoffe, dass sein Angriff Bloß Gluta mache ich natürlich Ich hoffe, Registril schlägt daneben Überlebe, Gluta, überlebe Okay, das hat weniger als die Hälfte Schaden gemacht Wir sollten uns auf jeden Fall noch eine Metallklau überleben können Drachenwut! Yes! Yes! Oh, und das war Registril soweit Uiuiuiui Nicht schön Das war keine schöne Situation Meine Sorgen haben sich vertieft So, weißt du nicht, wie sehr sich meine Sorgen gerade vertieft haben In diesem Kampf Ich werde eines der Fluchtsseile, die ich gefunden habe Die ich gekauft habe Ich habe dir auch Swamai den Geld gekauft Das werde ich verwenden, um Zu Fuß hier raus zu gehen Denn Ich brauche mal kurz eine Heilung Ich muss ins Pokémon Center Sonst wird das nicht gut ausgehen Ich würde sagen, dieser Turm ist ziemlich stressig soweit Ich würde auch sagen, wir sind erstmal fertig für heute Ich gehe noch zu Pokémon Center zurück Und dann machen wir den Rest des Turms beim nächsten Mal Ich wollte ihn eigentlich heute noch machen, aber Es waren viele anstrengende Pokémon Mein Gott Und wir sind noch nicht mal durch mit dem Turm Das ist das Schlimmste Das dürfen wir nicht vergessen An der Stelle Es kann auch alles passieren Aber erstmal Pokémon heilen Und wir haben niemanden verloren Aus irgendwelchen Gründen Was Ähm Ich denke In der Registriersituation Pures Glück war So ein Angriff war im Endeffekt Halt nicht so hoch Wie ich gedacht hätte Aber wenn es irgendwas stärkeres Als Metallklaue gehabt hätte Dann hätten wir ein gewaltiges Problem bekommen Aber gut Das war soweit das Beim nächsten Mal machen wir den Rest vom Turm Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und äh Gute Nacht Hallo Willkommen Äh Platin Pokémon Platin Randomizer Nasog Challenge Beim letzten Mal Waren wir im Turm Der Turm war anstrengend Heute Muss ich Tränke kaufen Denn wir haben null Stück Und das kann noch Zu einem großen Problem werden Wir hatten es mit dem Registriers zu tun Dass er einfach Seinen Angriff Sechs Mal erhöht hat Mit Fluch Und seine Verteidigung Das war also ziemlich spaßig Äh Nehmen wir 15 Nehmen wir 15 Wir gönnen uns heute Einfach mal was Vor allem damit ich auch Außerhalb von Kämpfen Ein bisschen was halten kann Ist das denke ich Sehr hilfreich Äh Wollen wir uns jetzt noch NPCs anquatschen Hallo Reisertrainer Gibt es nichts interessantes Achso Okay Dann äh Dann gehe ich wieder Eine Pension gibt es glaube ich Nichts für uns Was interessant wäre Immer wieder einmal Wird in der Pokémon Pension Ein Ei gefunden Niemand weiß wie diese Eier Dort hinkommen Es ist ein unlösbares Mysterium Versteckt sie jemand dort Das ist Ich weiß nicht warum sie es immer sagen Ich meine ja ich denke Sie machen sich darüber lustig Aber komm schon Es heißt noch nie Habe jemand gesehen Wer ein Pokémon Ein Ei legt Es wurde also nicht bewiesen Dass die Eier von Pokémon stammen Auf folgende Sache Wusstet ihr es Das muss ich erzählen gleich Guten Abend Es ist Zeit für den Pokémon Report Wir beobachten die Trends Rund um Pokémon Indem wir direkt mit den Trainern sprechen Dann sehen wir uns doch mal Den ersten Beitrag an Herzlich willkommen Meine Damen und Herren Ich hoffe es geht Ihnen gut Vielen Dank Dass Sie wieder bei Am Platz der Treue dabei sind Heute möchte ich Ihre Augen Auf einen Spaziergang Des M.O.P. Männlich Errichten Ist das nicht reizend M.O.P. Männlich Ging mit Gluta spazieren Sie gingen und gingen Und gingen Gluta gefiel das alles so sehr Dass es zum Beispiel Das hübsche Item Glitzerfels fand M.O.P. Männlich Und Gluta Hatten einfach eine glänzende Zeit zusammen Der Trainer beschrieb Was beide fühlten Rums Berst Das Band zwischen Mensch und Pokémon Ist es nicht wunderbar Bis zum nächsten Mal Adieu 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 Bis zum nächsten Mal Ähm ja Das war ziemlich aufregend Auf jeden Fall Ähm Alle Alle sind super seltsam Und zwar Ähm Wie sie aufwachsen Die Sache ist Sie sind am Herzen Sie haben so viele Komische Entwicklungsstadien Die sie durchlaufen Am Anfang sind sie Super winzig Ich glaube Keine Ahnung 0,2 Millimeter Oder sowas Und äh Dann sind sie Super weit Durch irgendwelche Ozeane Unterwegs Und dann werden sie groß Und es ist wirklich Es ist seltsam Und worauf ich hinaus will Ähm Ich glaube bis heute Hat noch niemand gesehen Wie Äh Aale Brüten Beziehungsweise Legen sie Eier Oder Sind es Säuge Wahrscheinlich legen sie Eier Sollten Eier legen Vermutte ich Ich weiß ehrlich gesagt Gerade Spontan nicht Auf jeden Fall Ähm Ja das hat irgendwie Noch niemand gesehen Was super seltsam ist Daran muss ich denken Und das war alles Was ich jetzt so zu sagen Wahrscheinlich sind die Informationen An äh Kritischen Stellen Falsch Aber Das ist okay Es geht hier schließlich Um Pokémon Platin Der Randomizer Nasog Challenge Da muss man äh Manchmal auch ein paar Fehler in Kauf nehmen Es macht keinen Unterschied Wo wir sind Hat man Pokémon bei sich Dann meine ich Sollte man kämpfen Mein Pokémon ist Ein lebhaftes Exemplar Ich zeige dir Was ich meine Dann zeige mir Was du meinst Mein Alter Kappel, Zoe und Käm Ein Vati und ein Schöpett Äh Ihr seid beide Denkbar schlechte Puppen Für diesen Kampf Ehrlich gesagt Wir können auf jeden Fall Erstmal Ähm Bora noch da lassen Krokodok dagegen Mir wäre Wohler dabei Wenn ich ihn austausche Würde gegen Lutha Denn ich weiß nicht ganz Was das Vati machen wird Ich denke nicht Dass es gefährlich wird Aber Nee 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 Ich vertraue der ganzen Situation Nicht Verstehe dir Lass mich raten Bora wird paralysiert Bora wird nicht paralysiert Da seht ihr Ist kein Donner-Shop Ich wusste Dass es irgendwas Nerviges wird Dann machen wir noch Ein Stampfer auf Vati Und du mach Ähm Keine Ahnung Biss Auf Scharpett Wie wäre es mit Biss Das muss deprimierend sein Heula ist in 2 gegen 2 kämpfen Bizarrerweise sogar Akzeptabel Och komm schon Okay Langsam aber sicher Fängt der Nebel an Mich zu nerven Muss ich ganz ehrlich gestehen Oh Gott Und jetzt setzt es nochmal Heula Jetzt ist unser Angriff Halbiert Und es trifft trotzdem nicht Okay Ich weiß nicht noch warum Das macht mich gerade wirklich wütend Dieser dumme Kampf Warum treffen wir dich Und warum wird mein Angriff Noch weiter gesenkt Es ist nicht mal so Als ob sie mir Schaden machen Können sie mal einfach nur Zeit verschwenden Das ist alles Was sie gerade wollen Nichts anderes Als unsere Zeit zu verschwenden Und Okay Gluta Es ist reicht Dreimal daneben mit Biss Wirklich Dreimal Weil ich habe Bohre ausgedrückt Das wollte ich gar nicht Egal Egal Zu spät Shuppet macht Schattenstoß Der sowieso Kein Schaden machen wird Das ist alles okay Donnerwelle Lieblich Komm schon Kann jemand das Shuppet bitte angreifen Viermal Nareinander Ist das dein ernst Also Wirklich Ist das Ist das dein ernst Kannst dich einfach Viermal nacheinander Nicht treffen Und jetzt wirst du sowieso Paralysiert Und deswegen nicht Oh mein Gott Das war beim letzten Mal Ach ja Die Sache ist Nein warte ich habe auf der Ebene schon gekämpft Die haben wir gegen Grigis Stil gekämpft Wollte sagen Das war beim letzten Mal Nicht so übel Wollte ich sagen Oh ja Aber beim letzten Mal Waren wir auch nicht So weit oben im Turm Aber doch waren wir Und es war nicht so übel Warum trefft ihr überhaupt Die ganze Zeit Bleibt sogar Volltreffer Werden meine Poker einfach Oh mein Gott Okay Ernsthaft Wow Du hast einen Biss gemacht Und er hat nicht gereicht Um zu killen Das sind auch noch Zwei so schwache Pokémon Aber ich kann einfach nichts machen Außer Gluta jetzt auswechseln Weil er scheinbar Viel zu geschwächt ist Um diesen Kampf weiterhin Stand zu halten Los Bohrer Ja Wie viel Schaden macht Schattenstoß Schattenstoß ist speziell Oder Nein Schattenstoß ist physisch Das Krokodok trifft null mal Komm schon Es kann ja nicht so schwer sein Ernsthaft Wie schwer kann es sein Mit dem Angriff zu treffen Vor allem gegen dieses Ziel Hat es auch geklappt Jetzt auf einmal nicht mehr Das kaufe ich dir nicht ab Niemand bekommt Bohrer Ein Level ab Kennst du einen Angriff Hey Felswurf Die glorreichen Bohrerzeiten Beginnen jetzt Denn Felswurf Wird erstmal Oft daneben gehen Aber Felswurf hat das Potenzial Ziemlich stark zu sein Um genau zu sein Kann es eher Wenn man fünfmal trifft 125er Angriff sein Und das ist gar nicht mal So wenig Oh mein Gott Das war eine Geburt Ich will gar nicht Erst mit euch reden Geht einfach weiter Geht einfach weiter Lass mich in Ruhe Das war fürchterlich So Ah Was haben wir ein Heilungsitems Wir haben ein paar Heiler Das ist gut Denn Den werde ich ein Zweimal benötigen Und dann werde ich mir Wahrscheinlich noch Zwei Supertränke Aus dem Vorrat Schnappen Einer für Bohrer Warum heißt das eigentlich Tränke Sind die nicht mehr ein Spray Das auf die Wunde Raufgesprayt wird So Desinfektionsspray Oder so Windhose Cool Das ist so stark Dass ich einfach so tun Wäre Als hätte ich sie nie gefunden Und die beiden da unten Ich werde so tun Als hätte ich sie nicht gesehen Hallo Ich kann nichts sehen Über all dieser Nebel Ach wenn noch jemand Diesen Nebel auflösen würde Dann würde dies auch Die Zweifel In meinem Herzen tun Auch wirklich Ich kann nichts sehen Über all dieser Nebel Wirklich Das Ende der Geschichte Ist das ich sowieso Die Folgen einsetzen muss Habe ich auflockert überhaupt Aber das habe ich nicht mal Ich habe auflocker nicht Also gut Denken wir gar nicht Erst weiter darüber nach Denn je weiter ich darüber nachdenke Desto mehr werde ich traurig Stattdessen Können wir jetzt in Ruinen Rüberschauen Und Ups Schauen Haben wir hier irgendwo was Was interessantes Oh Wirklich was Eine Lauchstange Wenn wir nicht gerade Einen Porrenta finden Würde denkbar unnütz sein Aber Ist okay Vielleicht finden wir Einen Porrenta irgendwo Und von hier aus Können wir dann direkt Auch in die Ruine reingehen Aber Ich werde das Item mitnehmen Und den Ruin Sollte ich auch Ein Pokémon fangen können Zum Linse Zum Was bringst du uns Zum Linse Ich glaube die war gut Ein Item zum Tragen Agiert Der Gegner Äh Agiert der Gegner zuerst Erhöht sich die Genauigkeit Des Trägers Ähm Wie wäre es wenn wir das Äh Borra geben Welcher immer langsamer Als der Gegner ist Und damit Äh Felswuft Eine höhere Trefferquote Haben wird Was in Kombination Denke ich Ich würde schon fast sagen Taktisch okay ist Ich weiß es Oder so immer Langsamer als der Gegner Was ist hier Den Häuser Noch alles vorzufinden Das Wesen Äh Das Wesen eines Pokémon Ist forsch Wusstest du dass das Wesen Eines Pokémon Bestimmt wie es wachsen wird Achso Aber erklärt nicht Was es macht Okay In diesem Gebiet Gab es früher Viele altertümliche Pokémon Das heißt gab es sogar Regelrechte Pokémon Weiden in der Nähe Im hohen Gras Könnten sie sich gut verstecken Warum sollten Pokémon Sich die ganze Zeit Nur verstecken Die haben auch ein Leben Das auch mehr Facetten hat Als sich vor Menschen Verstecken Vielleicht müssen sie sich Auch nicht ständig verstecken Wenn ihr aufwürdet Den Lebensraum Der Pokémon einzudringen Aber okay Wir lieben ja die Pokémon Alle und sowas Und wollen nur das Beste Für sie Deswegen verstecken sie sich Vor uns im hohen Gras Oh ich glaube Wir waren mal mehr Pokémon Aber so lange her Ich wollte dir meine Sticker geben Aber du hast keinen Stickerkoffer Du sollst mit meiner Mutter sprechen Oh hallo Oh yes Dann noch ein paar Sticker Hier bitteschön Lass ich mir erklären Wie es funktioniert Das weiß ich Das bekommen wir hin Ich würde sagen Das ist gleich an der Zeit Deswegen können Pokémon machen Das waren es Meine Lieblingsfeatures Von dem Spiel Eigentlich gesagt Pokémon Ruinen In dieser Stadt Wirken wie eine Art Merkwürdiges Alphabet Ich finde sie wirklich niedlich Allerdings bin ich zu klein Um sie fangen zu können Stattdessen spiele ich mit Stickern Um so diese komischen Buchstaben Verstecken zu können Wenn du mir Pokémon Bringst die wie Buchstaben aussehen Gebe ich dem Gegenzug Ein paar Sticker Ich fürchte ich habe gerade Kein Pokémon Das wie ein Buchstabe aussieht Aber okay Stellen wir rein Wir haben ein paar Gratis Sticker bekommen Von welchem Pokémon Wollen wir den Pokéball Aufhübschen Ich persönlich denke Trashy hat es sich verdient Äh Gibt es die von MOP glaube ich Ballkapsel Bearbeiten Okay Dann schauen wir uns das Ganz nochmal an Mitte Stern Gehe ich das nicht irgendwie Vorschau Yeah Was seid ihr davon Ein paar Blubberbläschen Da oben Naja Die Blasen Die gefallen mir nicht Für ein Steinspuppern Ich hätte gerne noch Einen Stern Ehrlich gesagt Ich meine Das sind zu wenig Sticker Um damit was interessantes Zu machen Ups Moment Ballkapsel Wir können noch mehr machen Auf jeden Fall Wir haben nicht noch ein paar Blubberbläschen Und eine Note Das bedeutet Ja das sieht doch nach Der Sitzbank aus Ist hier was Sitzbank hat sich noch Ein Herz verdient Da Wie ist Wenn wir das Herz Erstmal weglassen Ich glaube es war super nervig Pokémon abzulegen Wenn sie So einen Pokéball haben Aber Kommen wir hin Anbringen Okay Das war das Erstens geben wir Bora Dann haben wir Das mit dem Wasser Das geben wir Sitzbank Und dann haben wir Die Herzen Die geben wir Natürlich Trashy Okay Dann würde ich sagen Unsere Pokémon sind Soweit Aufgestickert Und diese neue Ballanimation Sehen wir jetzt Jedes Mal Wenn wir Eines der Pokémon In den Kampf schicken Ist das nicht Gezaubern Ein bisschen cool So Schauen wir in die Ruine Ich glaube hier gibt es noch nicht wirklich was zu sehen Aber Ach die war verwirrend Oben rechts Unten links Unten links So was Das schreibe ich mir auf Oben rechts Rechts Unten links Was haben wir dann Oben rechts Oben rechts Oben rechts Oben links Oben links Ich meine natürlich Was steht hier nur Wow Ich kann es Ich kann es ja kaum Entziffern Das ist eine Seriöse Sprache Mit der wir es hier zu tun haben Unten links Okay Das war es Also Wir fangen an Oben rechts Und dann Unten links Hey Oh oh Wildes Pokémon Wildes Pokémon Oh Luminion Ähm Zunächst einmal Muss ich Bohrer Zurückziehen Denn dieses Luminion Ist gar nicht Geborger Zum anderen würde ich sagen Will ich ein Finsterball Oder Netzball Werfen Ich denke Ich werde erstmal Drachen gut machen Und Für jeden Fall der Fälle Ist Luminion Denke ich ganz gut Äh Dazu haben Wenn wir irgendwann Wieder äh Wasser Pokémon brauchen Dann ich sag's euch Das nächste was Den Weg ins Team Finden wird Ist Luminion Das Problem ist Dass wir aktuell Bereits zwei andere Wasser Pokémon Im Team haben Das heißt Äh Feuer ist kein Luminion Für uns Aber Ich werde Die Chance geben Wenn sich die Gelegenheit bietet Okay Netzball Den hast du dir Verdient Ich hasse die Netzball Animation Mit dem dummen Netz Hm Das war Das war Das war nicht Ganz so effizient Wie ich das Erhofft Hatte Also Wenn wir Den Finsterball Wenn wir schon Mal hier sind Au Natürlich ist es Verwirrt Ich meine Bisher leistet das Luminion Mehr Widerstand Als ich erwartet Hätte Muss ich ihm Ja ganz klar Lassen Finsterball Yeah Das ist ne Coole Animation Komm schon Komm schon Komm schon Yes Der Finsterball Schafft es Immer wieder So auch jetzt Für Luminion Wurde ein Eintrag Im Pokédex Angelegt Luminion Neon Okay Kriegt mit Seinen langen Vorderflost Über den Meeresboden Konkurriert mit Landtorn Und Futter Ähm Ähm Wie wir nennen es Kriecher Das ist auf jeden Fall Ein guter Name Kriecher Ja Okay Dann wäre das ja Geklärt soweit Wurde gesagt Die versteckte Maschine Auflockung Empfinden sich Irgendwo in diesen Ruinen Oh Das erklärt einiges Oh je Und jetzt hilft mir jemand Der hat sich wohl Verlaufen Unten links Dann Ist er ein Trainer Er ist ein Trainer Oben rechts Hat sich nichts Das nicht vergessen Ultruinen Voller Inkognito Das muss doch Eine Bedeutung geben Eigentlich weiß ich nicht Welche Und das macht mich Zusehends Unleidlicher Also was ist das So auf Lager Ein Tauburger Da würde ich sagen Wir haben eine gute Gelegenheit Direkt den Felswurf In Aktion zu sehen Nein Die gewonnene Genauigkeit Ging verloren Durch den Sandwirbel Wie viel Schaden Macht Felswurf Ja Das nenne ich Akzeptabel Würde ich einfach Mal behaupten Ein Golbert Ich habe das Gefühl Gegen Golbert Verwerten Nein Wir kommen noch dazu anzugreifen Irgendwann Wenn wir nicht Zurückschrecken Und nicht Verwirrt sind Yeah Da ist er Der Felswurf Direkt zwei Treffer Und das war Und das war Golbert So weit zu gut Würde ich einfach mal behaupten So weit zu gut Also eine Menge Erfahrungspunkte Und ein Makargo Makargo kann Eventuell Bodenangriffe Wisst ihr was Härtner Ich glaube nicht Dass Makargo wirklich Bodenangriffe kann Ist mir egal Wir werden einfach Wir werden Felsen Loswerfen Und hoffen Dass es eine Menge Schaden macht Nicht so effektiv Gegen Makargo Zugegeben Aber Effektiv genug Wenn ihr mich fragt Wenn ich irgendwo Makargo finde Makargo war das Was ich gegen Ein Lugia Eintauschen konnte Oder Ganz Genesung Ja Unerwartet Okay Das ist gerade Ein bisschen dämlich Vor allem Da habe ich jetzt Sowieso keine AP Mehr für Felswurf Übrig Wenn ich ein AP Plus irgendwo finde Weiß ich Für welchen Anruf ich das Einsetzen werde Lassen wir sie jetzt Bank den Rest Erledigen Irgendwas sagt mir Dass die Aquawelle Akzeptabler Arbeit leisten Wird Aquawelle Und das war Makargo Yep Hatte ich die Stärkste Spezialverteilung Schon gar nicht Gegen Wasser Typen Ich suche dafür Nicht enden Wo wollen wir Als nächstes hin Ich glaube Oben rechts War als nächstes Super 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 Trank hätte ich gerne Für Borger Oben rechts Und dann oben links Dann nochmal oben links Und dann unten links Hier gibt unten links In dem Fall Sinn Kommen wir da irgendwo nach draußen Ja kommen wir Okay Auflockern Das sind ziemlich lockere VM soweit Protein Immer hilfreich Zauberwasser Interessant Besteigt Wasserangriffe Aber ich glaube Ich würde lieber Bei Seegesang bleiben Soweit Ein Zierpurze Hey Zierpurze Du wirst du gerne Mal einen Felswurf Abbekommen Wenn die habe ich Gute Neuigkeiten Für dich Oh Das Problem ist Dass Zierpurze Nicht schneller Als Bohrer Da kommt das Ganze Nicht so gut Zur Geltung Aber wenn er Erstmal trifft Dann Macht er auch Schaden Und das war zu kurz Soweit Okay Was haben wir sonst noch Wassertafel Schon wieder eine Tafel Zwei Besen von Zeit Und Raum Wurden aus dem Ursprünglichen Geboren Achso Ich glaube Mir müsste es noch Ein Item Zu holen geben Aber ich habe jetzt Keine Lust zu suchen Wir suchen es ein bisschen Es gab nämlich noch eins Wenn man irgendwo Hier oben rauskommt Das habe ich vorhin gesehen Was steht hier Freundschaft Alles Leben Äh Brau Nein Was Alles Leben Alles Leben berührt Anderes Leben Um etwas Neues Und Lebendiges Zu erschaffen Es war schwer Aber ich habe mich der Aufgabe gestellt Und ich habe sie Gemeistert Wie war es das Was ist das für ein dummer Stein Die Frage ist natürlich Werde ich meinen Weg Nach draußen finden Ich habe so meine Zweifel daran Aber mal schauen So ich will hier weiter nach oben Vermutig Von nach rechts kam ich Oder Nein hier ist einfach nur wieder Das Okay Wisst ihr was Ich habe spontan Mich dazu entschlossen Dass ich keine Lust habe Danach zu suchen Wenn man einen falschen Weg gibt Bekommt man nur einen Raum Mit dem Stein Schauen wir Versuchen wir das Giftschleim Erneut So war es Fasswerter reinzugehen Ich meine wir hätten Irgendwas finden Können wir es weiterbringen Oh und eine Sache Die Leute auch angemerkt haben Wir können auch einen Evoli holen Das stimmt Das stimmt Aber Gleichzeitig muss ich sagen Ich bin aktuell mit meinem Team Soweit ziemlich zufrieden Es gibt es für mich nicht Allzu viele Gründe Noch andere Noch andere Stellen aufzusuchen Fossil könnte ich auch abgeben Natürlich In Erz In Erzelingen Das war der Name Da ist die Sache Ich bin mir ziemlich sicher Dass Pokémon es wird Bekommen und nicht Randomized sein wird Das heißt Das würde ich dann eh nicht behalten Denke ich Dann wiederum Würde ich es behalten Ich weiß gar nicht Ich meine die Entwicklung ist random Das heißt Das zählt eigentlich an sich Als random Ich weiß nicht Bin mir unsicher Auf jeden Fall Ich muss die Bären Wieder mit Pflücken Auch wenn sie Schwachsinnig sind Auf jeden Fall brauchen wir Aktuell keine anderen Pokémon Schlicht und ergreifend Ich meine Wenn wir auf der Route sind Nehme ich es ja direkt mit Aber Ansonsten Ich habe natürlich die anderen Locations Soweit noch ein bisschen Hinterkopf Die wir noch offen haben Aber aktuell haben wir nicht Wirklich einen Grund Die abzuklappern Würde ich einfach mal behaupten Ich hoffe ich lehne mich Dabei nicht zu weit Aus dem Fenster Oh Tunnel Ich meine Es regelt sich sowieso Weiter Ich glaube es regelt sich Auch erst relativ spät Apropos spät Ist es Nicht schon relativ spät Dem Spiel Ist schon Finsterballzeit Ich weiß noch nicht ganz nacht Aber es ist gerade 18 Uhr Ist das dunkel genug Für den Finsterball Alter Ich bin mir nicht sicher Aber die Cheat geht daneben Na ja Versuchen wir es einfach nochmal Finsterball los Ich möchte ein Tarnhill fangen Na das ist nicht gut Na ja versuchen wir es zu schwächeln Und dann werde ich denke ich Ein paar super Bälle werfen Ah Attacke Kann auf keinen Fall Den Felswurf machen Denn Ich habe nicht das Gefühl Dass Tarnhill Den unbedingt überleben wird Der Felswurf ist stark Und Tarnhill ist schwach Das ist ein Problem Das ist der Bodycheck Okay Dann werfe ich mal eben Den Superball Und wir werden sehen Was passiert Vielleicht wird es drinbleiben Vielleicht auch nicht Ich denke es sollte Drinbleiben Eigentlich gesagt Mein Zaun und Tarnhill Am Ende des Tages Ist jetzt kein Metacross Ich ziehe meine Aussage zurück Schauen wir mal ein bisschen Mit dem riesigen Metacross Zu tun Apropos Ich glaube es habe ich auch schon Ins Barakt angemerkt Aber Ich finde es immer noch faszinierend Dass Meta Hat zwei Tarnhills als Arme Und Metacross hat Vier Tarnhills als Arme Bei Metacross etwas schwer zu unterscheiden Aber Das war nicht immer faszinierend Das ist quasi Tarnhill ist einfach nur Ein einziges Bein oder ein Arm Von Metacross und der Metacross Seht ihr das? Ich fand die hier immer relativ interessant Okay ernsthaft Du machst mir das Leben gerade schwer Ich denke ich werde einfach noch Ein Finsterball werfen Darauf hoffen Dass er unser Leben bereichern wird Das ist ein Finsterball Warte warum gehe ich überhaupt hier auf Wir haben auflockern Wir müssen zurück in den Turm Was mache ich hier überhaupt Bleib jetzt in dem Ball drin Ein bisschen nervig Ganz 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 kleines bisschen nervig Muss ich sagen Warum habe ich jetzt schon so viel Geld verschwendet An diesem dummen Tarnhill Aber Ich denke ich bin mir inzwischen relativ sicher Dass der Finsterball hier draußen Nicht effektiver ist als Sonst wo Tarnills Fangquote ist mies Ich denke wenn ich in Zukunft Irgendwelche Randomizer mache Werde ich einstellen Dass die Basic Fangrate von Pokémon Irgendwie um einen Punkt höher ist Oder sowas Denn Mein Gott ist das nervig Schauen Ich weiß nicht wie viel Versuch ich noch bekommen werde Bis Tarnhill sich mit Bodycheck selbst besiegt hat Aber Ich würde sagen Es ist an der Zeit den Timer Ball zu werfen Und auf das Beste zu hoffen Schon Oh mein Gott Fantastisch Ähm Eventuell werde ich das Tarnhill nicht fangen können Das hat auch schon so viel Ressourcen gefressen Ich bin mir immer noch unsicher Ob der Finsterball wirklich hier was bringt Ich sollte mal nachschlagen Ab welche Uhrzeit der effizienter ist draußen Oh mein Gott Hier kannst du noch so viel Widerstand leisten Du hast keine KP mehr übrig Es ist gleich tot Ich glaube noch ein Angriff Dann ist Tarnhill Ein für alle Mal besiegt Und das war unser Encounter Für diese Route Absolut Traurig Ja das ist wirklich nichts mehr Und das war Tarnhill Ja Ja Ich meine Was hätte ich machen sollen Was hätte ich anders machen sollen Wir müssen sicher in den Kommentaren Besser wissen Wenn wir mal aufpassen müssen Im Spiel Dann wäre dir bewusst Dass du Ich habe keine Ahnung Irgendwas hätte ich anders machen können Besser das Problem Dass wir aktuell kein Punkt mal haben Dass ich meine Statusverneuerung Äh Austeilen kann Außer Verwirrung Aber Verwirrung hat keinen Einfluss Auf die Fangquote Meine ich Ah ja Das ist ein bisschen kritisch Ich hätte wahrscheinlich bei Gesang Für Lapos bleiben sollen Aber okay Gehen wir Warte Kann jemand auflockern lernen Ich glaube nicht Mal schauen Äh Trashy kann auflockern lernen Ich meine Sie ist aus ob Trashy gerade gute Angriffe hätte Die wir bewahren müssen Und irgendjemand muss die VMs lernen Es tut mir leid Trashy Aber ich verspreche dir Wenn wir zum Attackenverlerner kommen Dann werde ich diese Angriffe wieder verlernen Okay Und dann wirst du was Gutes lernen Und dann wirst du dich zu irgendwas Starkem entwickeln Wie zum Beispiel ein Äh Mogelbaum Das wäre Ich mag Mogelbaum Aber Ich glaube ich wäre nicht begeistert davon Muss man auflockern eigentlich einmal pro Ebene einsetzen Reicht das wenn man es generell einmal im Turm einsetzt Hier nicht einsetzbar Okay Dann ist auflockern Äh dann ist der Nebel wohl hier noch nicht ganz vorhanden Das sieht doch ein bisschen neblig aus Auflockern Das ist jetzt ziemlich aufgelockert hier Gefällt mir Sehr viel weniger Nebel Wollen auf jeden Fall erstmal noch Ähm Auflockern Beibehalten Wir werden auflockern Nämlich auch auf dem Gipfel des Ähm Kraterbergs brauchen Wenn wir da oben sind Das heißt der wird relativ nervig Aber wir wollen schon was wir es bis dahin vielleicht noch beibehalten Ähm Lassen wir Gluter und Borra kämpfen In diesem 2 gegen 2 Kampf Moment Setz auflockern ein Oh Gott Lass mich diesen Kampf doch jetzt nicht ohne wieder starten Dafür haben wir auflockern nicht mitgenommen Okay Ich kann mich ja Ich kann mich ja nicht wieder blamieren Nicht vor meiner Freundin Diesmal werde ich nicht versagen Schon gar nicht Wenn Ben dabei ist Seid ihr die aus der Der Joto Region Den auch mal sagen Oh nein Ich kann doch nicht verlieren Das wäre so peinlich Wer kämpft gegen wen Äh Felshoff auf die Kuna Weil es sehr effektiv ist Und du mach Drachenwut auf Scheinung Schätze ich Oh Der Kampf ist langsam Wenn äh Borra der schnellste teilnehmende Kämpfer ist Und Level 26 Seid ihr denn da Von 76 Angriff Schwer in Ordnung soweit Und da kommt die Drachenwut Wird scheinungsdass überleben Und was ich in den Kommentaren auch gelesen hab Ähm Es gibt scheinbar im Ewigwald ne Villa Das wusste ich ehrlich gesagt Ich weiß aber genau welches ist Aber ich wusste nicht Dass die im Ewigwald ist Das heißt Äh Früher oder später wollen wir wahrscheinlich Nochmal zurück zum Ewigwald Denn ich mein In der Villa wartet mindestens noch Ein Encounter auf uns So dann lockern wir das Ganze Doch mal ein bisschen auf So angespannt hier Okay Oh der Nebel hat sich gelichtet Somit sind auch alle meine Zweifel verpufft Bitte nimm dies zum tanken Nimm schon Keine Angst Bannsticker Der verstärkt Geistangriffe Diese Lamina Es ist schwer zu sagen Was denn hier vorgeht Aber sie ist ein sehr einfühlsames Wesen Sie kommt übrigens öfter hierher Dass mich deine Abreise Äh Hier weniger düster gestalten Nimm dies Schutzband Uh das schützt vor Damit wird man von weniger wilden Pokémon angegriffen Okay Das war ähm Ich dachte das ist sehr story relevant Dass wir hier hingehen Das heißt auflockern zu lernen War definitiv Zu 100% in jeder Hinsicht Unnötig Okay Ich würde sagen Wir verlassen Trostu Und äh Geh nach oben Kämpf gegen Trainer Hallo Ich würde gerne Einen Pokémon Kampf austragen Mein Pokémon ist während meiner Zeit Auf der Ranch stärker geworden Ich bin richtig stolz Auf mein Pokémon Naja Der Ranch Das ist auch eine Sache Im Sonne und Mond Da gibt es ein paar Da gibt es eine Mogebomb her Die sagt immer Mo Mo Das ist ja mit allem Das heißt das Spiel neu war Äh Ein paar Leute auf Twitter Oder so geschickt Weil Abkürzung Schreck nicht zurück bitte Komm schon Bora Und da kommt die Verwirrung Oh mein Gott Manche Gegner sind einfach Zutiefst Anstrengend Aber da ist der Felswurf Und der sollte reichen Um diesen Kampf Direkt zu Der war kräftig Der war kräftig Das war Treffer 1 von 5 Ich weiß natürlich Wie weit will ich jetzt Borobot weiter Äh Trainieren Ich weiß gar nicht Wir sollten irgendwann auch anfangen Äh Schnäbelchen Äh Zu trainieren Aber das machen wir schon Wie die Zeit gekommen ist Hier sind eine Menge Tränen auf der Route Super Wir kämpfen mit ganz viel Pokémon Juhu Wir werden alle kämpfen Hm Ich überlege gerade Ob hier sogar so viele Äh Trainer sind Dass wir vielleicht Eine Runde vorspulen So was Wir spulen eine Runde vor Oh wir haben T51 bekommen Ist eigentlich Ruhe Orta Was ist es Im Randomizer Es ist Agilität Ah Das ist ein Angriff Die ich nicht verwenden will Und ich glaube Wir sind so ziemlich Äh Und wir meine ich Ich bin so ziemlich Alle Trainer von hier Durchgegangen Und ich habe ähm Schneeblein In den EP Teiler gegeben Frische gesund Die beste Milch der Welt Und hier oben links War die Anton Die Anton steht dem Weg Sie machen keine Anstalten Sich zu bewegen Ja wenn ich In Internette Würde ich es gelten Nennen Ehrlich gesagt Wir haben die beste Milch der Welt Hab ich gehört Wir haben sowieso Eine Kumo Milch Eine Flasche Beste Kumo Milch Kostet 500 Pokedollar Ich hätte gern Ein Dutzend Zwöl Flaschen Und dann nehmen wir Direkt nochmal Dutzend mit Kumo Milch Müsste 80 KP Aufheilen Vor allem für den Preis Ist Kumo Milch Halt Wirklich gut Die Filme werden wir Wahrscheinlich nicht brauchen Aber Ich denke mit 24 Erflaschen sollten wir Erstmal was anfangen können Ich bin an dem Punkt Quasi auch eine Wandelnde Molkerei Kumo Milch Halt 100 Ich glaube 80 oder 100 Ich dachte Das sind doch nicht 100 So nicht so viel Aber mein Gott Wir kommen diese Orte Ist mein ganzer Stolz Und scheinbar Wollen die Leute Hier gegen uns kämpfen Okay Letar King Oh Das wird ein Kampf Bist du bereit Bora Lässt dich nicht Von seinem in der Nase Born täuschen Die gute Sache Ist natürlich Dass der Tag Hängen Wenn es mal drankommt Sehr viel schneller Ist als ich Aber ehrlich gesagt Macht Felswurf Weniger Schaden Als ich das Mir erhofft hatte Aber dafür Treffe ich oft Jetzt noch Ein Fünffach Treffer Und wir haben Diesen Kampf gewonnen Ich vermute Es kommt Oder ein Volltreffer Zwischendurch Schon Ich muss sagen Diese erhöhte Trefferquote Macht sich Deutlich bemerkbar Denn der Felswurf Trifft oft Wenn er Gehter schneller Ist als Borger Ich nehme Niederlagen Mit einem breiten Grinsen Findest du das Etwa komisch Ja Zum Todlachen Aber ich glaube Mir regnet jetzt gerade laut Zum Glück Habe ich dran gedacht Das Schlafzimmerfenster Zuzumachen Tentacher 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 wirkt natürlich Wie ein Gegner Den man ignorieren würde Aber Wir sollten natürlich Wir sollten nichts übertreiben Und kein Risiko eingehen Tentacher Könnt eventuell Blubstrahlen Oder sowas Und Die Sache ist Ähm Borer Nimmt einfach Durch spezielle Wasserangriffe So viel Schaden Dass ich absolut Nicht das Risiko Eingehen kann Giftspitzen Seht ihr Wenn ich jetzt Turbodreher hätte Wäre das kein Problem Und auch eine Sache Die ich gelernt habe Turbodreher wurde scheinbar Äh Gebufft in der neuen Ähm Generation Ich vermute Das wird bei Schwert und Schild Gewicht sein Wir sind mir da nicht ganz sicher So dass es statt 20 Schaden 40 macht Und wohl auch noch Die Agilität erhöht Und natürlich Tarnstein und so Ist entfernt Das heißt Turbodreher Das ist ein potenter Angriff inzwischen Tragunier Tragunier hätte ich auch gerne Nein hätte ich nicht Es entwickelt sich jetzt Auf Level 55 Ich will kein Tragunier Ich habe mich gerade Spontan anders entschieden Vintose Sehr schön Vintose bedeutet nämlich Dass ich ja direkt Angreifen kann Und Felswurf Was für eine Präzision Mit Felswurf An dem Punkt haben 95 oder so Ich habe das Gefühl Felswurf Präzision muss an dem Punkt Wirklich hoch sein Denn wir Schlagen Wenn der Gegner schneller Weiß ich natürlich Nicht daneben Was ziemlich gut ist Schneeblein erreicht Level 21 Hatte die Verteilung Von Schneeblein gesehen 69 Spezialverteidigung Der Angriff ist vermies Hatte die Verteidigung Mein Gott Ich habe die ganzen Anton draußen gesehen Anton sind Pokémon Die an chronischen Kopfschmerzen leiden Ich fürchte Wir müssen abwarten Bis es ihnen besser geht Aber es geht ihnen nie besser Das ist der ganze Sinn In dem Pokémon Sei gegrüßt Reisender Manche unserer Kunden Sind ziemliche Rüpel Die immer kämpfen wollen Mal mit denen was du willst Das stört mich nicht weiter Oh Er ist auf jeden Fall Eine Wahl Der man sich Der man das Gefühl hat Willkommen zu sein So was haben wir denn hier Route 215 Route 215 Ist regnerisch Das ist kein gutes Zeichen Für Bora Aber Dafür könnte es ein gutes Zeichen Für jemand anderes sein Nämlich für Sitzband Allerdings würde ich auch Fast behaupten Das ist eine ganze Route Noch bevorsteht Würde ich sagen Wenn es ganz so weiter geht Sehen wir beim nächsten Mal Nicht sicher wie lange die Folge hier ist Aber Ich habe ein bisschen vorgespult Und auch nicht so viel Äh ja Wenn es ganz so weiter geht Sehen wir beim nächsten Mal Dann werden wir die Route Ein hinter uns bringen Und wahrscheinlich In der nächsten Arena ankommen Und wer weiß Vielleicht sogar schon In der nächsten Arena Leiter stellen Wir werden sehen Vielleicht werde ich dann auch Durch die Route durchspulen Aber Das wird sich dann da rausstellen Äh bis zum nächsten Mal Und äh Gute Nacht Es regnet gerade bei mir Auch sehr laut Das heißt Mir fällt gerade auf Dass ich jetzt in der Regnerischen Route bin Das ist sehr passend Und oh mein Gott Ich bin bereits bei Zehn Stunden Spielzeit Ich weiß wirklich nicht Wo immer die Zeit hin ist Bei äh Diesen Randomizer Videoreihen Mein Gott Zehn Stunden Uh Äh bis zum nächsten Mal Hallo Und willkommen zurück Zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nasog Challenge Es regnet immer noch bei mir Nicht mehr so stark Ich hab zwischendrin äh Für Warte Route 52 Nein das ist nicht neu Alles gut Äh ich hab zwischendurch Für ungefähr Satte 20 Minuten Eine Pause eingelegt Wow Was für eine lange Zeit Zwischen diesen Äh diesen Videos Nur vergangen ist Ich kann es kaum glauben Und äh Wir sind in einem Gebiet In dem es gerade regnet Was zunächst nervig klingt Aber Äh Ich kann Sitzbank einsetzen Und Sitzbank hat ein paar Wasserangriffe Die dadurch ungemein Verstärkt werden Das heißt das könnte Unser Leben ungemein erleichtern Und natürlich hat ähm Schnäblein Schnäblein Trägt natürlich Den EP Tyler Damit das Event Unter Umständen Vielleicht noch ein paar Labels bekommt Und mit den anderen Äh mit den großen Jungs Mitkämpfen kann Was ich mir natürlich Sehr wünschen würde Auch wenn ich nicht weiß Wie starken ähm Voluminars Letztendlich werden kann Aber Wir werden es herausfinden Außer 250 Erfahrungspunkte Von dem Tacher Das ist mehr Als ich gedacht hätte Schwalbos Aber es wäre auch Ein wirklich gutes Poké Und Nur mochte ich Schwalbos nicht so sehr Aber ich muss sagen Je mehr Zeit vergeht Desto mehr weiß ich Das Design von Schwalbos Zu schätzen Vielleicht wäre die Sache Dass es äh Vielleicht macht das Schwalbos aus dem Anime Von Ash nicht so sehr Oder so Keine Ahnung Hatte Ash eins Warte Nein ich glaube Maike hatte eins Oder? Nein Ash hatte eins Er hat als er gegen Wiebke gekämpft hat War das Ein Kampf zwischen Zwei Schwalbos Glaube ich Wo es dann gemeinsam Mit Pikachu kämpft Aus irgendwelchen Gründen Ja doch Er sollte Ein Schwalbos gehabt haben Es wird schon stimmen Heilball Ja Das ist ein gratis Pokéball Könnte ich mich nicht Darüber schweren Hey du Erstmal Kein Item Dann Zwischendurch Gehe ich auch langsamer Ich bin doch auch Nur ein Mensch Äh ja Das kann ich bestätigen Er ist in der Tat Ein Mensch Was dir angetan wurde Das füge ich Was dir angetan wurde Das füge auch anderen zu Der Gegenstoß Das ist gut für Pokémon Kämpfer Beim möglichen Leben Da würden Kämpfe Kein Ende nehmen So viel steht fest Ich will gerade sagen Das klingt sehr unvernünftig Aber Er ist da was auf der Spur Wie ich schon sagte Gegenstoß ist heftig Setz den Taki nach Der gegen den Stattaki ein Und die Kraft verdoppelt sich Gegenstoß ist tatsächlich Ziemlich cool Aber es war TM66 Stampfer Könnte hilfreich sein Aktuell aber erstmal Nicht so sehr Kein Item Ah Hier ist ein Item Der Toxic Orb Ist Toxic Orb gut? Ich glaube damit wird man Ein einziges Mal Schwer vergiftet Oder so Ist mehr so ein Online Ding Wenn mich gerade Nicht alles komplett täuscht Gleich bin ich unten Da sind wir Ein Item zu tragen Dieser bizarre Opfer Vergiftet seinen Träger Am Kampf schwer Vielleicht wird er jedes Mal Damit schwer vergiftet Aber Das könnte wahrscheinlich Ziemlich stark sein Wenn wir Ein Pokémon hätten Das Was war der Angriff? War das Fassade? Ich glaube Fassade wird doppelt so stark Wenn man Von einer Statusveränderung Betroffen ist Keine Ahnung Ein Savcon Das ist ein mächtiger Verwendet so das Savcon Als Boxsack oder so Weil es gerade Ein Kampfsportler war Was soll er sonst Damit anfangen? Geht's dir gut Äh Savcon Blinzle zweimal Wenn du als Boxsack Verwendet wirst Eins Das ist kein Blinzeln Seine Augen fallen zu Weil es gerade Ohnmächtig wird Ich glaube nicht Dass jemand der Savcon Als Boxsack verwendet Du hast Attacken Abstumpfen lassen Dein Pokémon ist ein Savcon Alle Attacken Die Savcon Kann Sind von Natur Aus stumpf Äh da sind Ein paar Bären An denen habe ich Nicht wirklich Als viel Interesse Jappabäere 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 Um da ranzukommen Aber Ich will gerade Echt niemanden Zerschneider Beibringen Deswegen Ignorieren wir das Einfach mal Jeder vergoste Schweißtopfen Macht mich Nur noch stärker Ja So geht's mir auch Immer wenn ich Einen Einkauf Nach Hause bringen muss Jeder Tropf Macht mich stärker Und das ist Ein denkbar Ungünstiges Pokken im Kampf Gegen Sitzbank Sind wir nicht langsam Overlevelt Oder sind einfach Die Trainer hier Weil ich mich Generell Schon die ganze Zeit Bin ich overlevelt Oder sind die Trainer Hier einfach nur Nein Das Balancing ist seltsam Ich glaube Die letzte Arenaleiterin Gegen die wir gekämpft haben Die hatte ein Pokémon Auf Level 24 Und die Trainer Hier haben oftmals Noch welche Auf Level 18 Ich denke Es liegt in dem Fall Einfach am Spiel Wahrscheinlich Wollen sie starke Levelkurve Die zu Beginn Angestritt wurde Ein bisschen ausbremsen Aber Ich weiß nicht Ich bin kein Fan Davon Wenn man für lange Zeit Gegen Pokémon kämpft Die einfach Wirklich schwach sind Aber das machen Die Spiele Nur zu gerne Nokcan Kann sehr wahrscheinlich Den Donner schlagen Was zunächst Gefährlich sein könnte Aber Ich Warte Jetzt Ein paar Kampferne Reichen auch schon aus Das Patronenheb Nicht vom Typ Kampf Warum hat es neutraler an Weißt du was Wir besiegen Nokcan einfach Und Ignorieren das Ganze Was ist Patronenheb Oh ich glaube Das ist ein Stahlangriff Oh ich glaube Das war vom Typ Stahl Das wird erklären Warum es neutral war Ein Stahl ist sehr effektiv auf Eis Aber nicht sehr effektiv auf Wasser Wodurch eine neutrale Effektivität übrig bleibt Das ist doch für Vorschüler Und Steht Sollte ohne Angriffsverstärkt durch Fluch Ich meine Wenn du genug Schweiß verlierst Wirst du leichter Irgendwo muss das Wasser ja herkommen So haben wir hier irgendwo noch Ein verstecktes Eitel Darum liegen Nicht wirklich Es deutet nur alles darauf hin Es ist tatsächlich ein Stück hohes Gras Wo man später mit dem Wo man ein bisschen shiny Chainen kann Um shiny Pokémon zu bekommen Mit diesem einen Was auch immer Radar das war Ich vermute Das sollte ein guter Abschnitt von Gras dafür sein Da braucht man immer noch ein paar Zwischen dem Pokémon Beziehungsweise Zwischen dem hohen Gras Das man gerade angesteuert hat Und dem das danach spawnen Braucht man immer eine gewisse Menge von Äh Gräsern Irgendwie sowas Meine Beschreibung war sehr Aufschlussreich Und ich denke An dem Punkt sollte es keine weiteren Fragen mehr geben Wie shiny Channing funktioniert In dieser Generation Und deswegen werde ich auch gar nicht mehr Weiter darüber reden Denn ich habe alles erklärt Ich habe alles erklärt Was ich darüber weiß Und das ist nicht mal gelogen Ich weiß nur wirklich nicht viel darüber Jogging ist wirklich gesund Aber man darf es nicht übertreiben Ich weiß auch nicht Ob ich im Regen joggen gehen würde Aber Du machst das schon Eine Himi-Bäre Warum finde ich hier die ganze Zeit Du dumme Bären Niemand mag Bären Komm schon Was haben wir Haryama Haryama würde ich uns nicht gerne ignorieren Aber Haryama sollte eine Gehaltvolle Quelle der Erfahrungspunkte sein Das heißt wir geben ihm mal eben Eine Hydro-Pumpe mit auf den Weg Wie stehst du dazu Wenn du so eine Art bekommen würdest Haryama Ja das dachte ich mir Haryama hat so viele Super viele KP Das bedeutet Wie viele Erfahrungspunkte bekommen Wir Sitzbank Wieder Folgeheit 200 Oh Nummer 249 Ist okay Weniger als von Schnurrgast Aber Soll man machen Dann würde ich sagen Sitzbank und Kofodok Sind bereit für den 2 gegen 2 Kampf Unser Dream Team Ich trete gegen jeden An Das kann mich nur stärker machen Ich will zur Herausforderung In die Schlei-Ede-Arena Aber zuerst Oh ich würde auch In die Schlei-Ede-Arena Das habe ich mal ganz mal auch gemeint Dass wir die vielleicht Heute anfangen Wisst ihr was Oh Gott Ihr habt 6 Pokémon Ich denke nur noch Dass wir die heute Vielleicht anfangen Okay Ich denke Wir haben eine relativ Eindeutige Reihenfolge Vor uns Was ist das eigentlich Für ein Sprite von Bullpix Der ist eigentlich ziemlich cool Hydro-Pumpe auf Logok Und Aqua-Knarre auf Bullpix Und Ja Aqua-Knarre hat Unerwartet gut geklappt Und es gibt unerwartet Wenige Erfahrungspunkte Nein Es ist unerwartet wenig Es sei denn sicher Schließe ich immer noch Um Bullpix Ich denke das ist ungefähr So viel wie man erwarten würde Ne Und Das war Logok So weit So gut Wie viele Erfahrungspunkte Bekommen wir Sitzt blank Halt ich auf Yes Volle KP Das ist eine Menge Und Schneeblein erreicht Der mit 23 Schneeblein könnte Gern mal Den Angriff lernen Dann können wir mit Schneeblein selber Vielleicht auch mal Kämpfen Das Problem ist Nur bevor es nicht Einen kann Das ist etwas Kritisch Weil die Angriffe Von Schneeblein Alle etwas Daneben sind Warte Was ist das hier Gerade für Eine Elementaraufteilung Das und dann Machen wir Eiszahn auf Loreblatt So heute denke ich Gleich Ich weiß noch Ein Loreblatt Wie viel kann ein Loreblatt schon Aushalten Die Antwort ist Mehr als ich Ja gedacht hätte Und da ist Der Absorber Absorber ist Schlicht und Greifend Kein so starker Angriff Scheinwerfer aber Leider auch Vielleicht reicht Der für Geld Aber Ich habe meine Zweifel Ja das hat Nicht mal fast Gereicht Das hat nicht mal Die Spezialverteilung Gesenkt Das war einfach Nur ein schwacher Äh Schwacher Scheinwerfer Das war ein starkes Zauberblatt Mein Gott Was Okay Ich meine Es ist ein Level 25 Loreblatt Aber Huh Das habe ich unterschätzt Gute Sache ist Dass es den Eiszahn Auf keinen Fall Überleben kann Also Habe ich es auch Nicht zu sehr Überschätzt Würde ich einfach mal Sagen Ja aber Mach Absorber Ja Ist okay Sollte er Dass Greg Aber den Eindruck Überleben sollte Oder Ja Oder Wird der Scheinwerfer Ausreichen Oder nicht Mal schauen Er hat ausgereicht Ist aber knapp Sehr Gesang Hält ein gutes Stück auf Ein kleines Stück So Wen haben wir dann Als nächstes Was sind die Finalen zwei Pokémon Mantirps Und Was ist das andere Mantirps ist heute irrelevant Kurtel Ich denke Kurtel ist ein Pokémon Das wir ganz geschmeidig Mit einer Äh Mit einer Aquawelle Ausschalten können Und Mantirps Müsste schon Vom Typ Flug sein Ich glaube das haben wir Bereits In dieser National Challenge Herausgefunden Welchen Typ es ist Aber Ich habe es zu 100% Ich habe es nicht ganz vergessen Ich könnte mich nur noch Dunkel erinnern Ich habe es aber zum größten Teil Vergessen Das hat mich mir unsicher War Weil Ein kleines bisschen Erinnerung war noch übrig Okay Und das war Kurtel Oder will ich sagen Pfleg der Quirkel Das war bevor ich Den Anime gesehen habe Beziehungsweise Ash und Kurtel Hat im Anime Kein Soll ich ihn davon halten Der Name ist halt so Der Name ist seltsam So werden Worte im Deutschen Eigentlich nicht geschrieben Deswegen dachte ich Quirkel Und der Biss Damit haben wir diesen Kampf Gewonnen Gegen 6 Pokémon Der sich ein bisschen Gezogen hat Elite 4 Oh Du hast den Kampf gewonnen Aber wir hatten Weiter Wir haben weiter Eine Erfahrung gewonnen Meine Zuversicht Wurde erschüttert Das kenne ich Und das waren 6000 Pokedollar Direkt bar auf die Kralle Ich glaube die Sache war Dass wenn ich mit Pokodok kämpfe Pokodok hatte Münzabulett dabei Oder Denn Das ist das Was uns ermöglicht Jede Menge Items Zu kaufen Na Hier liegt wieder nichts Aber Wer sollte in Schleiede Angekommen sein Ich wollte nach Elysis Aber einige Pokémon Haben mir den Weg Versperrt Warum sie dort sind Weiß ich nicht mehr Aber sie bewegen sich Keinen Millimeter Was sind auch Anton Was hätte ich von der Musik Ich weiß noch Yes Oh Ich wusste Dass der Zeitpunkt Kommen wird Dies ist das Unglaubliche Lände Des unglaublichen Team Galactic Ein Kind wie du Sollte lieber In einer Pokémon Arena Spielen Schließlich ist die Arena Leiterin Auch nur ein kleines Kind wie du Dann werden wir das Wahrscheinlich machen Oh Wir haben das Glücksei gefunden Spielhalle ist gefährlich Warum Nur man hat dort So viel Spaß Dass man völlig die Zeit Vergisst Ja genau wegen solchen Aussagen gibt es Spielhalle In modernen Pokémon Spielen nicht mehr Ich habe der Spieler Allein TM gewonnen Und ich habe sie auch Gleich einem meiner Pokémon beigebracht Salud Trainer Äh Ja Okay Kennst du Hilda und Marinos Die Arenenleiter von Schleide und Weideburg Puh Die beiden sind viel zu stark Für mich Ich bin nicht mal Ansatzweise so stark Wie sie Da kann ich dir Geheimnis verraten Ich glaube ich auch Nicht zum aktuellen Zeitpunkt Ach Wieder das Moderatoren-Team Werden uns diesmal Fern von ihnen Denn Ich habe nicht wirklich Lust mich mit ihnen Zu unterhalten Ich glaube die sind nervig Einfach ganz Unauffällig weitergehen Und Blickkontakt meiden Das ist der Trick Wenn man Blickkontakt Aufbaut Werden sie eine Nicht in Ruhe lassen Oh ja Team Galactic Lagert alle möglich Interessanten Sachen In seinem Gebäude Ich habe gehört Sie versteckt dort Sogar eine versteckte Maschine Das ist eine versteckte Maschine Muss versteckt werden Das ist ein Mysteriöser Meteorit Der vom Himmel Gefallen ist Und niemand hat ihn Weggeräumt Wir haben in die Versteckte Maschine Fliegen hier in unserem Gebäude gelagert Sie sagen Ich darf sie haben Wenn ich ihnen beweise Dass ich es wert bin Ah ja Okay Oh ja Hier ist das Casino Zeug Vielleicht können wir Damit was machen Wenn ich Geld habe Dafür Oh das Lied Ist ein Hit Komm in die Spielhalle Du möchtest Münzen haben Die du gegen Items eintauschen kannst Aber du hast keinen Münzkopf Für die Münzen Wirklich wir müssen das schon wieder machen Geh ins Gebäude nebenan Okay Dann gehen wir ins Gebäude nebenan Und schauen ob ich Den Münzkopf finde Oder einen bekomme Hallo Ich hätte gerne Einen Münzkopf TM Scheinwerfer Er hat nicht genug Münzen Hm Okay Ich wachte auf Und habe ein Talent Erkannt Was das Talent ist Fragst du Was die in mir Versteckte Kraft ist Die lässt mich Die Kraftreserve Von Pokémon erkennen Aber das ist tatsächlich Auch hilfreich Um Keine Ahnung Irgendwas über Seinen Pokémon herauszufinden Es gibt so viele Preise Die ich gerne hätte Aber ich habe keine Münzen Ja auch nicht Vielleicht ist das Falsche Gebäude nebenan Die anderen Gebäude Sind jetzt nicht wirklich Nebenan Das ist schon Ein Stück weit weg Oh Äh Danke Für Für Die Meteoriten Itemsperre Die Stadt der Felsen TM63 Haben wir bekommen Das ist Schutztauschen Psychische Kräfte Tauschen Änderungen Vertauschen Änderungen Verteidigung Spezialverteilung Mit denen des Gegners Äh Das klingt sehr spezifisch Oh sind wir ein wenig müde Nein nicht du Ich meine deine Pokémon Wenn du möchtest Kann ich einem Pokémon Eine Massage geben Möchtest du das Ja Welches braucht dann Wenig Entspannung Ähm Ich denke Ich denke Sitzbank Sieht gerade so aus Würde sich Sitzbanks Sehr über ein bisschen Entspannung freuen Kicher dann mal los Entspann dich Mein kleines Sitzbank ist jetzt Kein kleines Pokémon Sitzbank schaut verträumt Und zufrieden Übrigens sieht der Pokémon Das hier Komm morgen wieder Wenn du magst Okay Danke Der Kerl mit den Schals in Waldeburg Ist der Freund Meiner Schwester Sie schicken sich Redemäßig Briefe Und die Pokémon Stellen die Briefe zu Spatschirizo etwa Patschichi Das sehe ich so auch Okay Wie komme ich jetzt In den Münzkorb Hier Wo ist der Münzkorb Randomized Sollte aber nicht Hey du Achte auf die Münze Dreh 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 Welche Hand ist die Münze Links oder rechts Rechts Ha Wie arm sehe ich Ich fordere dich heraus Zu einer Herausforderung Noch einmal zu suchen Okay Äh Rechts Bravo du hast gewonnen Das Belohnen gibt es da Für einen Münzkorb Dankeschön Ich dachte es wird so eine Sache Wo man das dreimal Nacheinander raten muss Was einfach noch nervig ist Es gibt viele Zauberkünstler Du weißt schon Tricks und Illusionisten Aber es könnte doch sein Dass so um die 5% Davon wirklich zaubern können Was meinst du? Äh Nein Ich mein Wenn wir darüber reden wollen Dass irgendjemand von Illusionisten Oder so richtig zaubern kann Wovon Uri Geller Natürlich Keiner ist Wenn er ist ein echter Magier Dann Würde ich sagen 5% Ist etwas sehr Großzügig eingeschätzt 500 Münzen Für 10.000 Aber wir machen 50 Sehr teuer Ich hab genug Münzen Lass mich in Ruhe Das ist ein Hit 5 Münzen gefunden Ist ein Spielapparat Oh an dem kann man hier auch Schon nicht mehr spielen Stehe Hey Ein weiteres Wiedersehen Unter alten Bekannten Team Galactic Ja ich hab das auch Eine Ahnung Dass sie auch zu mehr Spielen hergekommen Seien könnten Beschleicht Beschleicht auch dich Das Gefühl Team Galactics Logo Vor dir zu sehen Wie was mysteriös Dieser Umstand Muss untersucht werden Welch ein Glück Dass ich zur Stelle bin Ich bin sicher Diesen Spielplatz Für die Masseninformationen Zu finden Gave over Wie ist das so möglich Kürzlich Wurden meine Pokémon Andauernd von Von denen meiner Freundin Kämpfen besiegt Ich bin also hergekommen Um ein wenig Dampf abzulassen 20 Münzen gefunden 10 Münzen gefunden Das Spielapparat Kann man die überhaupt spielen? Man kann ja gar nicht spielen Ist das eine Sache? Das ist ziemlich aufregend Soweit Ich finde da aber eine Menge Münzen Nicht mal ansatzweise genug Und damit Ich meine wir sollten Die auch nicht einfach mitnehmen Ehrlich gesagt Ja ist ein bisschen enttäuschend In Harkot und Zoll Sie haben wenigstens Ein anderes Spiel vorbereitet Aber hier Ähm Ja gehen wir einfach weiter Das ist einfach nur Zeitverschwendung An dem Punkt So aber wo ist die Arena? Wo würde ich mich verstecken Wenn ich die Arena wäre? Wahrscheinlich nicht hier oben Schleihe in dem Team Galaktikgebäude Wir träumen vom Universum Das ist ein cooles Gebäude Oh das ist ein super cooles Gebäude Das ihr da habt Macho Band Senkt die Äh Initiative Aber verdoppelt glaube ich Alle EVs die man bekommt Das ist also relativ cool Ich meine nicht dass ich es verwenden werde Aber für den Fall der Fälle Könnte es cool sein Das ist ein Einkaufszentrum Kaufhaus Wir machen Träume wahr Ich hab Träume Und ich könnte mir gut vorstellen Dass diese wahr werden irgendwann Verkauft ihr schon was? Kaufen Hyperbälle Der hätte ich gerne Hyper Äh 15 Stück davon Ehrlich gesagt Pokepuppe Ich weiß nicht wann wir sie brauchen werden Aber zwei Pokepuppen dazu haben Kann nicht schaden Denn mit Pokepuppen Können wir schlicht und ergreifend Vor allen Gegnern Äh Vor allem mit den Pokemon fliehen Das könnte uns doch retten Irgendwann Top Trank Hypertrank Ich weiße brauchen wir nichts von der Heilung Soweit Hm Was will ich runter gehen? Oh Gott Komm unter Geschoss Wo Nahrung und Erntefrisches Auf dich wartet Wir bieten ein erlesendes Angebot An Essen und Leckereien Für Pokemon Hallo ich verkaufe Knusper Äh Nein ich möchte keinen Knusper Komm Wie kann ich helfen? Kaufen Bären Okay Gibt es eine schlechte Knusper Gibt es eine schlechtere Knusper Als mich? Ich glaube nicht Können von Glück reden Dass es hier Knusper zu kaufen gibt Trotzdem will ich mein Baby Stieber selbstgekochtes vorsetzen Ja Ich muss sagen Mit meinem Hartgelenk Habe ich auch ein bisschen Probleme Knusper zuzubereiten Mit der Maus Alles okay Wutkekse sind ausverkauft Tragisch Hallo potenzieller Käufer Interesse an Lava Keksen Ja gib mir 10 Lava Kekse Waren wie Hyperheiler Richtig? Richtig Yeah Richtig Okay Zuerst das ist soweit ziemlich gut Ich hatte gar nicht mit einem Ich hatte gar nicht mit einem Einkaufsparadies im Untergeschoss gerechnet Das Kaufhaus packte mich Und ich habe sofort alle Wutkekse erstanden Tja Einfach alle Wutkekse gekauft Schämend So Schauen wir nach oben Ich meine Ich kann mir nicht mehr viel leisten Aber Möchtest du einen Zähler Für deinen Poketsch haben Cool Damit kann man ein bisschen zählen Wenn man das möchte Bis 1999 Das habe ich oft gemacht Tatsächlich Öfter als ich sollte 2x Angriff 2x Angriff Und 3x Spezial Ich hoffe nichts für Verteidigung Aber Das ist mehr Angriff Kann eventuell hilfreich werden Sie empfiehlt mir Protein Davon halte ich nicht viel Zufluchtkraftreserve Spezialverteidigung Wie sieht's aus Irgendwas Wo kann ich das Zeug Oh das für die Untergrundbasis Natürlich Wo kann ich das Zeug Verwenden Es gibt doch keine Geheimbasis Aber Das Mantipskisten ist ein Hit Das Mantipskisten ist fantastisch Ein Getränkeautomat Wir haben allerdings schon Eine Menge Kuhmummilch gekauft Das heißt wir brauchen ja nichts Seit Jahren kaufe ich hier ein Und jetzt soll ich eine normale Kundin sein Das muss man sich erstmal vorstellen Man kauft seit Jahren ein Und die wollen dir sagen Du bist eine normale Kundin Okay Dann zeig mir noch jemand Der hier seit Jahren einkauft Zeig mir eine weitere Person Dachte ich mir Dass ihr keine nennen könnt Das ist das einfach nur Eine Frechheit Absolute Frechheit Wir gehen jetzt Mit so einem Laden Für die Mittelschicht Will ich nichts zu tun haben Laut einer Legende Hat der Kraterberg Sind nur in zwei Hälften geteilt Wenn ich mir Chalelos ansehe Ist da vielleicht sogar etwas dran Wenn es Menschen gibt Die sie sehen wollen Erscheinen Pokémon In vielen verschiedenen Formen Warum dann Wenn Menschen sie sehen wollen Bin mir sicher Das ist denen relativ egal Letztes Mal haben wir noch gelernt Dass sie sich vor Menschen verstecken Bist du auch ein Trainer Stimmt es gibt also ein Pokémon Ich suche jemanden Der sich darum kümmert Das Pokémon nennt man Porygon Ich habe es in der Nähe Das Gebäude von Team Galactic gefunden Da ich aber kein Trainer bin Möchte ich das gerne abgeben Nehmst du das? Na gut Ich werde es noch eine Weile Um uns kümmern Komm wieder Wenn du eine Meinung geändert hast Vor allem Porygon kann ich auch nicht weiterentwickeln Dafür bräuchte ich das Upgrade Ich glaube Porygon bringt uns echt nicht allzu viel So wo ist jetzt die Arena? Also wirklich Pokémon sind zu weit aufgehalten oder? Yeah Die sind dermaßen frisch Wo ist die Arena? Wenn so viele Möglichkeiten Da unten ist sie Ich habe sie gefunden Wie ich schon richtig erkannt habe Sollte es dafür nicht so viele Möglichkeiten geben Oh nein Hallo Oh wie männlich Nimmst du die Herausforderung der Arena an? Hui Du bist von Mal zu Mal stärker Oder scheint das nur so Was ich hier mache? Oh ich war einkauf im Kaufhaus Und ich meine Ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex Aber Oh das ist der Typ Die Rauenbogen sind mein Ring Aus Trübensee Hervor ich ging Wie ich heiße Wellenbrecher Wer bricht die Wellenwellenbrecher Wie eine Flut spüle ich dich weg Du hältst dich nicht an diesem Fleck Marinos löscht die Feuersglut Die Letztizität Tut ihm nicht gut Doch wohlgebut Mein Lied ich sing Die Rauenbogen Sind mein Ring Hallo ihr zwei Hübschen Ihr wollt die Arenaleiterin herausfordern Dann lasst mich euch eins sagen Jung mag sie sein Doch ist sie auch ein wahres Genie Ich hatte die Ehre einmal mit ihr zu trainieren Und war ganz beeindruckt Von ihrer Zähigkeit und Stärke Holla Vielleicht sollte ich mich vorstellen Leiter der Pokémon Arena Für den Ringkampf Und der Kunst des Liedes Weltbrecher Marinos Aus der Weideburg Arena Steht vor euch Wir sehen uns wieder Wie wir sehen uns wieder Mein Alter Also dann viel Glück Bei der Herausforderung Männlich Ja bei so viel Brachialer Männlichkeit Wie von Marinos Da würden mir auch die Worte fehlen Ehrlich gesagt Und sie fehlen mir auch Oh das war das mit dem Boxsack Den man Rüberschleudern kann Das war eigentlich ganz cool So dann Ups Mal schauen wie die Arena Soweit laufen wird Ich meine ich bin Halbwegs zuversichtlich Wir sind der Karate Vierer Ich versetze dir einen Schlag Im Namen der Liebe Hei ja Für die Liebe Ich versetze dir einen Schlag Für die Liebe Hei ja Was soll das überhaupt bedeuten Also Ernsthaft Was Wie soll das überhaupt funktionieren Den Schlag für die Liebe versetzen Ich glaube nicht Dass die Liebe Von Gewalt Profitiert Aber okay Er scheint sich da besser auszukennen Als ich Muss ich fairerweise sagen Ein Dornpfann Ich würde sagen Level 27 Es ist an der Zeit Uns den ersten Blizzard loszulassen Und er geht direkt daneben Identität 4 Überleben wir Knapp Blizzard Oh Das mag der Ebulator Auf der Auflösung Nicht gerne Aber der Schaden Absolut hervorragend Und 118 Kp Wieder zurück Und das waren auch Eine Menge Erfahrungspunkte Die wir auch brauchen Denn ich kann mir gut vorstellen Das vielleicht der stärkste Pokémon vom Arena Light auf Level 30 sein wird Unter Umständen könnte das also kritisch werden Hornlio Level 25 Darum mache ich mir nicht ganz so viele Sorgen Aquawelle wird reichen Und Aquawelle hat gereicht Auf Level 25 sollte man kein Hornlio mehr haben Ah Zermalmt Yeah Und das im Namen der Liebe Haia Äh Oh der geht noch weiter Okay Ich war kurz verwirrt Wie das hier noch Das weiter gehen soll Aber Ich glaube ich habe das Rätsel gelöst Und die Reifen wurde umgeschleudert Äh Kennen wir gegen den da Ey du Wir sind der Karate Vierer Ich versetze hier einen Schlag Im Namen der Hoffnung Haia Für die Hoffnung Sehe ich schon Die Hoffnung ist stark Uh Ich hätte die Hoffnung Nicht gegen Deoxys kämpfen zu müssen Aber Wie es aussieht War dieser Wunsch vergebens Ähm Fangen wir mit dem Konfu Strahl Denn je nachdem Was Deoxys einsetzt Könnte das unser Leben retten Ich weiß auch nicht Ob es an dem Punkt Schon starke Angriffe hat Logischerweise Aber So am Level 26 Das heißt Es ist nicht so viel Äh Oh Da hat jemand Keine hohe Verteidigung Ach das ist deprimierend Schau ich das an Ich habe selten Beziehungsweise ich würde fast sagen Ich habe noch nie ein Pokémon gesehen Das durch Ohne Status Veränderungen Sich selbst So viel Schaden Durch Verwirrung zufügt Das war ein Fest Äh Blizzard Oh ich freue mich schon darauf Jedes Mal diesen Slowdown Mitzuerleben Wenn wir Blizzard einsetzen Aber Damit spürt man Die Macht des Angriffs Erst so richtig Giftwolke Hey 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 Blizzard Ging daneben Da ist die Kopfnuss Signaturangriff von Hypno Weil Hypno echt Keine guten Angriffe hat Schon Nein Ich denke seinerzeit Die alte Sitzbank Zurückzuziehen Denn die Kombination Aus Gift Und der Kopfnuss Macht viel Schaden Hauptsächlich das Gift Ähm Hinsetzen wir ein Kokodok Kann Biss Ja Kokodok Wird das schon reißen Kokodok Die Migration Erhöht den normalen Angriff Meine ich Yeah Das ist ein bisschen dumm Biss Gute Schaden Macht Biss Akzeptabel Akzeptabel Ich vermute Hypno ist mehr Ein spezieller Tank Als ein physischer Ranger Thomas Wir waren nicht gut genug Viel hat eigentlich Nicht gefehlt Und deshalb Wo ihr für die Hoffnung Gekämpft habt Haia Dann trainieren wir Borra Beziehungsweise Paten Borra In die erste Stelle Hm Was haben wir in Heilungseiters Ich brauche Miku und Milch Sitzbank Sitzbank hat schon So viele KP So viel mehr Als die anderen Pokémon Und wir sollten Auf jeden Fall Noch Gegengift haben Yeah Elf Stück Auf jeden Fall Müssen wir für die nächsten Beiden Trainer Sitzbank nicht einsetzen Aber für den Fall Der Fälle Fühlt sich schaden Wenn Sitzbank Hat zwar nicht mehr Viele AP Aber Wenn sie eventuell Im Namen des Smuts Haia Wenn sie im Endeffekt Trotzdem noch Ein paar Leben übrig hat Sianer Sianer wird nicht gut Auf den Felsdorf Zu sprechen sein Das kann ich euch Jetzt schon versprechen Ich bin allerdings auch Nicht gut auf Oh das ist nicht cool Ich bin auch nicht gut Auf spezielle Angriffe Zu sprechen Also Sollte sich das Wo ausgleichen Macht nicht so viel Schaden Wie ich gedacht hätte Dafür trifft es aber Wieder mal ziemlich auf Trotz des Sandwirbels Äh Hornattacke Hey Hm Nochmal Hornattacke Okay Müssen wir jetzt wirklich Müssen wir jetzt wirklich Dieses Spiel spielen Okay Okay Ist okay Ist okay Krokodok Du hast gebraucht Du hast jetzt Psychokinese einsetzt Habe ich Ah Konfusion Okay Wer es Psychokinese eingesetzt hätte Dann wiederum Vielleicht wäre die Vielleicht hätte das gereicht Um Bohrer auszuschalten Ehrlich gesagt Denn diese Psychokinese Macht auch schon An Krokodok Verdächtig viel Schaden Eigelität Äh Ich denke Ich verzichte Ihr wisst Wie ich zur Agilität stehe Ich bin nicht gut Darauf zu sprechen Donnerwelle Oh mein Gott Yes Okay Oh das ist Das ist ein großer Tag Gerade Das ist ein großer Moment Wir haben die Donnerwelle Von einem Pokémon Mit enormer Verteidigung Hopsprusse ist vom Typ Pflanze und Flug Ein Eiszahn sollte also Durchaus angemessen sein Und das war so ein Hopsprusse Ich hoffe ihr habt eure Zeit Miteinander genossen Denn sie war von sehr kurzer Dauer Und ein Starabia Ist nicht ganz ein Staraptor Es hat aber den Bedroher Am Endeffekt würde ich sagen Nice Zahn Und diese Situation Sollte geklärt sein Nahkampf sollte es auch Erst auf Level 36 Oder so lernen Wenn es sich weiterentwickelt Das heißt es sollte nicht All zu viel schief gehen können In dem Kampf Trashy wird es wieder mal schaffen Oh Notsituation Das war kein verkehrter Move Ehrlich gesagt Es reicht aber nicht Um zu überleben Und Level up für Trashy Da hat mir jemand den Trashy nicht rausgebracht Ich konnte den Sieg nicht da zwingen So dann Müllen wir ein paar Supertränke weg Wenn ich sowieso noch 11 Stück habe Krokodok bekommt einen Und Trashy bekommt ebenfalls einen Ich glaube nicht Dass wir Trashy einsetzen werden Aber Wenn ich Trashy einsetze Werde ich sehr froh darüber sein Dass Trashy nicht halb tot ist Es wäre echt cool Wenn der Typ mich durchlassen würde Aber wenn er es nicht tut Bin ich mir unsicher Ob ich hier gerade überhaupt weitergehen kann Ich kann hier links Das bringt mir aber auch nichts Ich muss die Arena kurz verlassen Ah Okay Dann Machen wir das mal eben Also Ich werde mit dem Pokémon Center Meine Pokémon ein bisschen frisch machen Und jetzt sollten wir schon wesentlich besser unterwegs sein Würde ich einfach mal behaupten Ich bin von der Seite auf die Treppe drauf Yeah Ach ja Hier jetzt den kleinen Geben bringt mir nichts Oh Hätte ich hier oben entlang gehen müssen Oh Es sieht nicht so aus Als ob man hier durchgehen könnte Zu meiner Verteidigung Aber man kann durchgehen Ich mag es Ich mag es dass da kurz der Soundeffekt kommt Wenn man Pass auf Das ist jetzt sehr spezifisch Es ist aber aus Pokémon, Rubin, Saphir und Smaragd Aus der dritten Generation Und zwar wenn man Nicht die Knurzbe macht Sondern Ich glaube die heißt einfach Pokeriege Wo man dann an der Seite immer drücken muss Wenn man das Richtige Timing hat Dann kommt auch dieses Sching Geräusch Nicht das perfekte Timing Aber einfach nur der rote Ring Pass auf Moment Das war es ein bisschen Aber ich meine Moment Ja doch doch Das ist das Geräusch So Warte Fehlt der hier? Ist einer? Müsste noch fehlen Äh Das sieht aus Als ob das nervig werden könnte Kann ich das soweit? Nein Kann ich das jetzt noch machen? Oder? Oh Gott Oh das ist nervig Versetzt ihr einen Schlag Im Namen der Tränen Haia Für die Tränen Warte ihr habt Mut Hoffnung Liebe Und Tränen Ich dachte Emotionen wären soweit euer Ding Aber Ich weiß nicht Sollte es Trauer sein? Tränen Tränen Im Namen der Tränen Verpasse ich dir einen Schlag Ich hatte das Gefühl Ich meine in dem Fall Passt das Ich denke Wenn ich mir mit einem Schlag Verpasst wird Dann kann ich durchaus Dann sehe ich mich durchaus Tränen vergießen Komm schon noch einmal Oh Borra Du Monster Gibt leider nicht so viele Erfahrungspunkte Oh das war's Ich bin so hungrig Ich habe keine Stärke mehr in mir Ja Warst du noch Tränen in dir? Das ist auch die wichtige Frage Heia So das geht hier hin Zum Glück sind wir Schad Damit man halbwegs einschätzen kann Wo was hinfliegt Ich glaube trotzdem Dass ich das Oh warte Das kann ich nochmal zur Seite schieben Okay Doch doch Wir können das noch machen Es wird nur ein paar Momente dauern Ich muss sagen Nicht mein liebstes Konzept Für eine Pokémon Arena Ich würde sagen Wenn wir nicht sowas hätten Wie Die dumme Arena Mit den Mülleimern Aus Generation 1 Würde ich fast drüber nachdenken Ob das eins der Konzepte sich am wenigsten leiten kann Denn Mein Gott Das ist echt nur nervig Aber okay Ich glaube ich sollte es gleich haben Wenn es nicht so lange dauern würde Wäre es okay Denke ich Aber So Schauen wir nach oben Moment Schauen wir gleich nach oben Erst machen wir Den weg Und dann schieben wir den Sandstag Noch weiter weg Und dann Schauen wir zum Arena Leiter Hallo Moment Jeden Tag eine gute Tat Einen Tag nach dem anderen Jede Begegnung soll zu schätzen Denn jede ist einzigartig Hm Hallo Schön dich kennenzulernen Ich bin die Arena Leiterin Hilda Hilda Ich weiß nicht genau wie es ist Stark zu sein Unter Äh Ich weiß genau wie es Ich weiß nicht genau wie es ist Stark zu sein Unter Arena Leiterin bin ich auch nur zufällig Aber ich werde in jedem Fall Mein Bestes geben Schließlich sind Kämpfe Eine ernste Sache Also dann Okay Ich mag das Pflaster über deiner Nase Artisan Webster Sagen wir es wie es ist Punita ist erstes Pokémon in diesem Kampf Ist nicht die optimalste Wahl Auch wenn es Flammenrad wäre Flammenrad müsste physisch sein Nicht verbrennen Yes Und dann kommt der Felswurf Oh der wird Punita zerschmettern Volltreffer Oh Gott Das war absolut nichts Ab Level 35 Werden übrigens von den Pokémon Die letzte Entwicklungsstufen erzwungen Um das nochmal anzumerken Giggly Sehr passt das Pokémon Und es ist Level 32 Ich wusste es Ähm Ich kann Schnellblatt nicht wirklich reinschicken Was ich gern machen würde Um es zu paralysieren Aber Schick mir ein Kogel auch rein Ich habe mir gerade ein bisschen Sorge um Kik Das ist vom Typing her Nicht gut für mein Team Oh er ging daneben Oh perfekte Turmkicking daneben Das ist fantastisch Ähm Ich denke wir machen einfach passenderweise einen Himmelhieb Wenn wir schon in einer Kampfarena sind Und das ist glaube ich der stärkste Angriff Den ich gerade so weit habe So Trank Turmkick Uh Für eine Zeit lang fand ich Kikli super cool Ich meine ich denke immer noch Das ist ein cooles Pokémon Aber ich finde es nicht mehr so cool Wie es früher der Fall war Ich wollte mal ein super starkes Generation 2 trainieren Und Die einzige Art wie ich wusste Wie man seine Pokémon trainieren kann Und man hat Generation 2 Und nicht so viele Wege Man kann dann nur die Top 4 machen Und zwar um das optimale Training zu gewährleisten Habe ich die Top 4 immer dann mit einem einzigen Pokémon gemacht In dem Fall Habe ich versucht mit Kikli die Top 4 zu schaffen Immer und immer und immer wieder Und irgendwann war es auch stark genug Um die Top 4 mal Eingang zu machen Was hauptsächlich daran liegt Dass das stärkste Pokémon der Top 4 auf Level 50 ist In Generation 2 Aber das war ein langweiliges Training Okay Und ich würde sagen Dieser Kampf Stecke wohl etwas in der Klemme oder? Ja doch Das könnte man so sagen Ach dieser Kampf ist ziemlich souverän gelaufen Das Kikli hätte Schaden auszeigen können Aber irgendwie Hat auch nicht ganz so viel Damage gemacht Wie man erwarten würde Was mein Leben erleichtert Wahrscheinlich hätte es hauptsächlich nicht stürzen sollen Okay du hast gewonnen Das war eine schwere Niederlage für mich Ich habe viel daraus gelernt Hier ist dein Orden Der Bergorden von Hilda Damit haben wir 4 von 8 Orden Ich sollte dir einen Orden Der Pokémon Liga erklären Mit diesem offiziellen Orden Kannst du dir vor allem Fliegen Außer von Kämpfen verwenden Oh Du hast jetzt 4 Orden Das heißt Dass dir Pokémon bis Level 50 gehorchen werden Das hier ist auch für dich Die TM60 Diese TM beinhaltet die Attacke Gegenschlag Sie führt Schaden zu Träubt den Ziel KP ab Ich habe das Gefühl Es ist kein Gegenschlag Was ist TM60 Es ist Gegenschlag Ha Kommt man hier immer Gegenschlag Oder ist das Das war eine seltsame Arena Ich habe das Gefühl Sie könnte auch tatsächlich Einen richtigen Spiel Kikli auf Level 32 haben Jetzt haben wir noch Eine Kampf TM bekommen Alles sehr dubios Wenn ihr mich fragt Aber hey Wir sind soweit fertig für heute Ich denke Das Vorspulen In den letzten paar Parts Wo ich etwas mehr gespult habe Als ich mir wünschen würde Hat sich durchaus gelohnt Denn wir haben Fortschritt An den Tag gelegt Ey, wo viel männlich Ein Glück Dass du hier bist Kannst du mir bitte helfen Ein paar Serübel von Team Galactic Haben sich meinen Pokédex geschnappt Jetzt brauche ich deine Hilfe Allein kann ich hier nichts rückholen Ich warte vor den Lagerräumen Von Team Galactic auf dich Bitte komm Ich meine Dann weiß ich wohl Was wir als nächstes vorhaben Wir werden zu Team Galactic Rüberschauen Und sehen Was sie mit dem Pokédex Gemacht haben Denn Scheinbar Wollen sie den Pokédex haben Da sind bestimmt Wertvolle Informationen Über Andere Universen Drinnen Man kennt Das steht einfach Als ein Pokédex Bin mir sicher Sie haben irgendeine Begründung Dafür Aber Irgendwann sagt mir Dass die Begründung Dumm sein wird Vor allem haben die Keine Ahnung Haben die nicht irgendwie Man darf nicht zu viel Logik Das ganze Spiel reinbringen Ich wollte gerade sagen Haben die nicht Keine Ahnung Irgendein Buch Oder so In der Enzyklopädie Wo überall in Pokémon Was drin steht Aber Wir als Kinder Werden ja losgeschickt Um Erstmals Die Pokémon Zu entdecken Was Sehr seltsames Konzept ist Denn Die leben einfach Um euch herum Aber Versucht mir gar nicht Als zweit Darüber nachzudenken Dann würde ich sagen Beim nächsten Mal Team Galaktikgebäude Und Das wird ein Abenteuer Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und äh Gute Nacht Hallo Und willkommen zurück Zu Pokémon Platin Es ist wirklich dunkel geworden Im Spiel So sehen wir mal Ein paar Parts Bei Dunkelheit Ist auch 20.50 Gerade Äh Ich habe heute den Tag Genutzt Um möglichst viel Platin Aufzunehmen Damit das Damit wir Wenigstens Die täglichen Videos Ausnahmsweise Mal einhalten Können Davon So ein Opfer Bin ich eingegangen Ich glaube ich habe heute So um die Sieben Stunden Platin Gespielt Oh Gott Wir sind 40.50 Minuten Parts Ich sage es euch Und dann zwischendurch Noch trainieren Zeit sammelt sich an Auf jeden Fall Äh Haben wir beim letzten Mal Was hier getroffen Und sie hat gesagt Oh Team Galaktik Hat mir meinen Pokedex Geklaut Gibt es hier nicht Einen heldenhaftigen Mutigen Trainer Der zufälligerweise Mir eventuell Dabei helfen könnte Wieder zurückzuholen Und da war ich plötzlich Und ich kann ihr in der Tat helfen Wir Team Galaktik Werden alles nehmen Was wir nur nehmen können Und wir interessieren uns nicht Für Dinge Die uns nicht weiterbringen Das ist unsere Philosophie Ähm Das ist die Sache Team Galaktik Ist ein reguläres Internationales Unternehmen Das ist hier Das hier in der Sinnohregion Ansässig ist Das heißt Sie zahlen keine Steuern Haben heimliche Pläne Zur Weltherrschaft Das übliche Ding Was Anita Besonders ist Ist die Tatsache Dass wenn man In eins von ihren Gebäuden Reingeht Dass sie einfach sagen Hey Wir sind übrigens böse Wir wollen alles An uns reißen Was wir nur nehmen können Das ist unüblich Ganz so weit Gehen die Meistern Doch nicht Team Galaktik Forscht hier Tag und Nacht Wir konzentrieren uns Auf neuartige Energieressourcen Nein Das ist sehr zeitgemäß Du bist zu jung für uns Wenn du älter bist Kannst du bei uns mitmachen Ich wusste nicht Dass ihr die Alkoholgruppe seid Hallo Willkommen Das ist das Team Galaktik Das ist das Schlei-Ede Team Galaktik Gebäude Ich weiß nicht Inwiefern das was ändert Kosmische Energie Für alle Wäre es nicht wundervoll Wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten Ich weiß nicht Wäre es wunderschön Ich weiß nicht Ich hoffe es Erartet nicht In den kosmischen Horror aus Äh Wo ist sie Hierhin Hat sie nicht gesagt Wir treffen uns Von dem Team Galaktik Oh ich werde wahrscheinlich Von links aus hingehen müssen Lege ich da Ich lege da Absolut richtig Oh Erwopimend Ich sag mal Kannst du mir helfen Du kennst doch Die Team Galaktik Diese schrecklichen Leute Sie wollten vor einer Weile Professor Albes Forschungsergebnis In Jubelstadt entwenden Weißt du noch Tja Und jetzt haben sie mir Mein Pokédex geklaut Bitte hilf mir Wieder zu erlangen Lass uns zusammen kämpfen Ja Du und deine Pokémon Zusammen mit mir Und meinen Pokémon Ein Traumteam Das einfach nicht Verlieren kann Diese fiesen Schurken Werden mit ihren Machenschaften Nicht davon kommen Dafür sorge ich Und wir sind Ein Dreamteam Das einfach nicht Verlieren kann Ich stimme dem ganzen Soweit zu Writer Mark Also ich muss da Fairweise sagen Das ist auch Ein ziemliches Dreamteam Soweit Lass mich die Gefahr Kurz checken Die Sache ist Metacross ist Brandgefährlich Für Bora Wenn es nämlich Eine Psychokinese macht Weiß ich nicht Ob Bora das überlebt Krokodok hat aber Keinen guten Wasser Angriff Und Sitzbank Gegen Sitzbank Ist das auch wieder Alles zu neutral Tja was Wir lieben das Ries Nein Nein Moment Wir wechseln Zu Sitzbank Ich wollte sagen Wir lieben das Risiko Ist mir aufgefallen Nassok Challenge Nassok Challenge Nein Wir lieben das Risiko nicht Wir mögen das Risiko nicht Das Risiko ist Ja nicht willkommen Das Risiko hat Hausverbot Und äh Dementsprechend Hab ich mich dazu Beschlossen Auszuwechseln Oh Knochen Mal ran Das ist ziemlich stark Das ist solider Damage Knogger Mein Gott Äh Pump mir Eine Hydro Pumpe Auf Lavados Die Blut Ist nicht ganz so stark Hydro Pumpe hat einfach So eine gute Ich muss nachschauen Was die Trefferquote Von Hydro Pumpe ist Denn Hydro Pumpe geht einfach So gut wie nie Daneben Und das erstaunt Mich immer noch Ich meine es sollte Auf jeden Fall Ich glaube es ist 85 Aber gefühlt ist Eher eine 95er Trefferquote Ehrlich gesagt Ich meine Ihr habt Lapras Inzwischen Auch ein paar Mal Hydro Pumpe Einsetzen gesehen Und das ist Eine wirklich gute Trefferquote Soweit Und das war Metacross Schneebleiben Bekommst du Lever ab? Nein Hey 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 Was denkst du eigentlich Was das hier gerade wird? Ich bin nicht Überzeugt von dem Was ich hier gerade Vor mir sehe Greif erst mal Das Traumagil an Welches das Aufs Sitzbank Abgesehen hat Das ist nicht schön Aquabelle Oh das mit dem Knogger wehtun Es lebt noch Energiefokus Äh Energiefokus Wäre eine nette Idee Wenn du nicht das Langsamste Pokémon Von allen hier gerade wärst Und das Lapras Kann auch Eissplitter Ha Und ich glaube Wir haben soeben Knogger verloren Äh Ich hoffe Wir sind noch mehr Pokémon auf Lager Und zusätzlich Hoffe ich Das Traumagil Unter Umständen Diese Hydro-Pumpe Nicht überlebt Volltreffer Das habe ich gehofft Und Sägesang Heilt ganze Sieben KP auf Oder so Und Schnäblein Erreicht Level 27 Schnäblein Wirst du vielleicht Charmian Das wird nicht weit helfen Willst du nicht Vielleicht Irgendwann Unter Umständen Mal darüber nachdenken Einen Angriff Zu lernen Denn ähm Von den Stats her Und von der Dollarwelle Ist es auf jeden Fall Bereit zu kämpfen Das Problem ist aber Der Angriff von Äh Von Schnäblein Ist generell Nicht allzu hoch Und gleichzeitig Ähm Wird er nicht unbedingt Besser Dadurch dass es Äh Nicht mal Stab Angriffe hat Sei es Wenn ich es einsetze Mit der Aero Aus oder so Werde ich halt Schlicht und Greifend Kein Pop Und die Sieg Bekommen Das macht die Situation Aktuell etwas Verzwickt Würde ich fast behaupten Und ich denke Wir haben diesen Kampf Soweit gewonnen Vielleicht wird ihn sogar Charmian Gewinnen Aber wahrscheinlich Nicht Ja wahrscheinlich Nicht Charmian ist Kein starkes Pokémon Okay So weit So gut Und Schnäblein Bekommt 600 Erfahrungspunkte Von zwei Kinder besiegt Das darf nicht Wahr sein Hätte ich mich Doch zurückgehalten Nur das Lager Beobachtet Arrk Das stinkt Doch zum Himmel Unsere Pokémon Sind die reinsten Blindgänger Wer sollte uns Im Hauptquartier Neue besorgen Hmpf Mir interessiert Schon so ein Dämlicher Pokédex Team Galaktik Werden schon bald Alle Pokémon Der Welt gehören Nein Des ganzen Universums Hier nimm schon Nimm dein Dämlich Pokédex Pah All den Kram Den wir uns Bei Auf dem Gelände Den wir bei uns Auf dem Gelände Hatten Haben wir sowieso Schon weggeschafft Nach Weideburg Und so benehmen Wir uns Wie das Was wir sind Wie Rüpel Frei nach dem Motto Ihr bekommt Euren Senf Ab Ist das ein Sprichwort Das existiert Ist es nicht Sagt man nicht Ja dass man Seinen Senf Dazu gibt Aber Welche Stimmen Sind Rüpel Was wissen die schon Was geht hier vor Warum lauft Typ von Team Galaktik Hier durch die Straßen Und benehmet sich Als ob ihnen alles gehört Oh Da ist ja wieder dieser Typ aus der Oberstadt Wie ungehobelt Doch mein Genie Zu verkennen Ist Teil des Plans Ich wollte nicht Unhöflich erscheinen Team Galaktik Hat mir meinen Pokédex Weggenommen Und deswegen bin ich wütend Ist mir einfach so Rausgerutscht Ich gehe jetzt besser Nehmt euch vor Team Galaktik Na dann machen wir das wohl Aha Ja Interessanter ist sowieso EP Teiler Für das aktuelle Level Wirklich kann Ich glaube es sollte von denen auch Erzelingen Jubelstadt Ewig genau Oh ja Wir können wahrscheinlich noch nach Elysis Oh Weideburg ist da unten Ich denke Ich werde mal schauen Ob ich da hinkomme Ehrlich gesagt Oh Das war ja von den Anton blockiert Ja das war das Problem Hä Schauen wir nach Ob die Anton immer noch Im Weg sind Ich bin Ich bin dann mal Unterwegs Ich bin den falschen Weg Gefahren Aber jetzt bin ich unterwegs Und die Anton Sind immer noch Im Weg Okay Warte Gehe ich da nur Auf den richtigen Weg Ähm Karte Ich meine Vielleicht kann ich Südlich von Schauen wir Ob ich südlich von Herzhofen Losgehen kann Ich hoffe es einfach mal Sonst bin ich nämlich Einen gewaltigen Umweg Gegangen Okay Herzhofen Komm schon Hier ist auch ein südlicher Ausgang Da ist ein südlicher Warte was Wie kann ich den Die ganze Zeit Übersehen haben Es gab beim Pokémon Äh Ich gab beim Pokémon Viele Knuspe Jetzt bin ich zuversichtlich Dass wir ein Wettbewerb Gewinnen können Diesen sind jetzt übrigens Irgendwie ein Hit Auch wenn es vielleicht Ein bisschen sehr Schrill ist Aber Weiß nicht Die Wettbewerbe sind Interessant Aber die Ruinen Von Trostu auch Tut mir leid Also versuchen wir Das ganze noch mal Nur dieses mal Von Schleyeder aus Und wie es ausseht Ist ja direkt der Weg Den ich gesucht habe Du willst Route 2014 entlang gehen Das ist wirklich dein Ernst Nicht wahr Die ist doch viel zu unwegsam Und dort gibt es nichts zu sehen Gut dann gibt es Diesen Ruinen Maniac Den du mal besuchen könntest Dieser Typ ergräbt sich Ganz allein durch die dicksten Durch das dickste Felsgestein Dieser Ruinen Maniac Also Kämpfe gegen ein paar Trainer Und äh Versuchen Hinter dir Nein ist nichts hinter mir Und versuchen Den guten alten Gluta Weiter zu entwickeln Denn da wird Gluta Ein wirklich guter Das verspreche ich euch Ich vermute mit dem Glückseil Sollte das tatsächlich Auch wirklich schnell gehen Och Ich ziehe alles zurück Ich dachte es geht schnell Und da hat sich das dick Einfach vergraben Hör auf dich zu vergraben Okay Das war nicht so eigentlich stark Versierblatt Sollte soweit den Zweck erfüllen Yeah Ich meine das ist die Sache Gluta bekommt soweit Ziemlich viel physischen Angriff Dazu für Level Ups Beim letzten Level Up Hat es Ganze drei Punkte Zubekommen Das Problem ist nur Wir haben nicht so viele Physische Angriffe Und damit meine ich Wir haben Einen Der ist dafür ziemlich Akzeptabel Aber Ich weiß nicht wie lange Wir wirklich mit Rasierblatt noch gut Unterwegs sein werden Und das ist so eine Verschwendung von Dem fantastischen Pokémon Da wird mir schlecht Wenn ich nur daran denke Stell dir mal vor Das gehört den Stolos Ein Stolos ist eins Der am coolsten Designten Pokémon Von allen Machen wir uns an der Stelle nichts vor Hier ist Pokémon Das irgendein Problem Darstellt Israel Quaser Äh Drachenwut Oh nein Das hat richtigen Angriff Oh das ist nicht gut 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 Ähm Würde ich noch Einen Angriff überleben Ich weiß nicht wie viel KP ich davor hatte Okay Schnapplein Zeig was du drauf hast Drache sollte Nicht so effektiv Auf Oh perfekt Mein Plan ist nämlich Zuallererst mal Drei Quaser Zu paralysieren Bevor wir Irgendwas anderes versuchen Schnapplein Sei stark Oh das war Stark Das ist halt die Sache Schnapplein wird so gut sein Wenn es erstmal Irgendein Angriff hat Der nicht darauf basiert Dass es eine riesige Nase hat Eroas Ich weiß nicht wo ich mich überhaupt Nachschau Ist ja was Es ist wenig Schaden Es wird lange dauern Aber Warum sollte ich das Risiko eingehen Eins meiner Pokémon zu verlieren Wenn wir den Kampf auch einfach so zu Ende bringen können Die Drachen Ich glaube macht nämlich so gut Wie keinen Schaden An Schnapplein Das Pferdreich quasi Das Pferdreich quasi Ist überhaupt jemals wieder einsetzt Aber Langsam sind wir an dem Punkt An dem legendäre Pokémon Gefährlich werden können In dem Fall ist seine KI Etwas kaputt gegangen Aber Ich werde mich darüber nicht beschweren 12 Kp Schaden Das ist halt so wenig Und so viele Typen sind nicht sehr effektiv Auf entweder Gestein oder Stahl Das gute alte Schnapplein Ich meine Ich habe in der Vergangenheit oft gesagt Dass ich Voluminast Die Sondern ich mag Aber Ehrlich gesagt Vielleicht Vielleicht habe ich mich da getäuscht Vielleicht steckt da ein wirklich gutes Pokémon dahinter Und Level 30 für Gluta Mein Plan nicht zu verängstigen Ging wirklich auf Ging nicht wirklich auf Aber ich kann versprechen Als das Rekwase eingesetzt wurde Ich habe mich ein bisschen verängstigt gefühlt Das muss ich ganz klar gestehen An der Stelle So Moment Pokémon Center Und dann werden wir auf Route 215 Ein Pokémon fangen Also wir waren auf Route 215 Biss ja was Lässt mich das gleich nachschauen Bei der praktisch taktisch platzierten Karte Im Pokémon Center 214 215 214 ist definitiv neu Okay Also wo wollen wir unser Pokémon ja fangen Ich würde fast sagen Wir werfen einfach die Angel aus Und sehen was es anbeißt Wir haben kein verstecktes Item Komm schon Mit der Angel sollte man ein relativ niedrig geleveltes Pokémon bekommen Und das sollte Die Fangwahrscheinlichkeit etwas erhöhen Denke ich Das könnte auch ein Fehler sein Weil ich es nicht wirklich schwächen kann Aber Ich habe die Angel bereits ausgeworfen Und es hat was angebissen Also es ist zu spät Und darüber nachzudenken Und Kaputops Das ist so cool Aber wir haben zwei Gesteinstypen und zwei Wassertypen So Dann packen wir direkt die Donnerwelle aus Und ansonsten sollte ich mit dem Netzball ziemlich gut unterwegs sein Gegen Kaputops Wenn ich jetzt halt wüsste Was besser ist Netzball oder Was der andere Finsterball Denn sie sollten beide ihren Zweck erfüllen Aber welcher ist besser Ich habe absolut keine Ahnung Naja ich glaube Es ist ein Punkt Also ich hätte schwächen sollen irgendwie Ich glaube ich werde nicht in der Lage sein Dies Kaputops zu fangen Außer Wir haben noch eine Möglichkeit Naja es hat seine Verteilung so stark erhöht Das heißt auch wenn ich es jetzt Verwirre Wird es nicht allzu viel Schaden nehmen Wenn man sich selbst zur Verwirrung verletzt Ich glaube es kann auch nur härten An dem Punkt Problem ist aber Das ist auch wenn seine Verteilung ausgemerkt ist Wurde kaum ein Angriff Dann wieder rum Wenn seine Verteilung ausgemerkt ist Könnte es eine Verfolgung überleben Von Schneeblein Vielleicht könnte es auch jetzt schon ein Überleben Ich schaue wie hoch der Angriff von Schneeblein ist Ja na Oder von Skunkapu Das hat auch keinen hohen Angriff Bericht Ja 39 ist zu hoch Trashy wie sieht es aus 36 Deine Angriffe sind alle ein bisschen zu stark Das war Ich wusste dass es passieren wird Aber ich dachte Es wird schon hinhauen Und jetzt haut es nicht hin Fairerweise muss man sagen Ich denke Kaputops ist auch kein gutes Pokémon Aber Es könnte es Zerb unter Umständen Frage ist Wie lange werde ich es versuchen Ich weiß es nicht Ich werde einfach ein paar Bälle werfen Wir sehen was passiert Yes Oh Es hat ein bisschen gedauert Aber Da haben wir es Kaputops das Schaltier Nicht Schaltier Sondern einfach nur Schaltier Es hat nicht mehr so viel Kohlensäure Man geht davon aus Dass dieses Pokémon an Land kam Weil seine Beute ebenfalls Irgendwann an Land lebte Hm 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 Das hat Klingen als Händen Als Hände Das ist sehr alt Ähm Ähm Ich denke wir nennen es einfach Wilhelm Ich denke das ist ein sehr angemessener Name für ein Pokémon Äh von seinem Alter Wenn ihr mich einfach mal so nachfragen würdet Okay Das hat ein bisschen gedauert Äh Hier sind Citrobeeren Yes Citrobeeren könnten hilfreich werden Können Fall erfällig Ich meine ich denke nicht dass ich sie jemals ausrüsten werde Aber Also die gleiche Sache wie üblich Kann ich einfach an den Bärensteuchern vorbeilaufen Und es nicht mitnehmen Das ist einfach gegen meine Natur Das ist gegen die Natur der Spiele Wenn ihr das macht Dann spielt ihr das Spiel wahrscheinlich einfach nur falsch Und solltet Euch schämen Und ich weiß viel darüber wie man Pokémon Spiele richtig spielt Okay Damit wir uns da Damit wir uns da direkt Damit wir keine Missverständnisse bekommen Dancer Mark I took a tick Ah ja Schnäblein ist noch an erster Stelle Donnerwelle Zeig doch mal was du im Kampf kannst Schnäblein Jetzt ist ein guter Zeitpunkt Für dich Donnerwelle ist auf jeden Fall Donnerwelle alleine schon gerade so stark Ich hab das Gefühl mit Donnerwelle und der Eroass Können wir also ziemlich alle Kämpfe einfach austanken Damit will ich nicht sagen Manchmal vergesse ich das gerne Dass die Entwicklungen randomized sind Okay Zu meiner Verteidigung Wie zum Beispiel bei Habitaco Und bei Durgipir auch Und wahrscheinlich noch das öfteren Top Genesung Das ist doch mal ein Item So ich will Gluta noch an die erste Stelle packen Denn Es ist ein Level technisch ein gutes Stück höher als die anderen Aber Ich hab das Gefühl Gluta wird uns sehr viel weiterhelfen Wenn es sich entwickeln wird Zumal für den Zeitpunkt weiß ich nicht Ob es wirklich so hilfreich ist Und das wäre eine Menge Erfahrungspunkte Ibiscus Level 21 Ich mag übrigens nicht Dass sie solche Trainer in meine Spiele einpacken Beziehungsweise generell die Pokémon Freunde Oder Pokémaniacs Oder Züchter sind das Leute Die sechs Pokémon haben Ich mein Ich hab nichts gegen Trainer Die sechs Pokémon haben Das kann nicht ganz nett sein Aber Das Problem ist Dass sie halt einfach Zehn Level oder so Unter einem alle sind Und Es fällt schwer Es nicht als Zeitverschwendung anzusehen Vor allem geben sie auch echt Nicht viele Erfahrungspunkte Üblicherweise Ich kann auch was in dem Fall laufen wird Ich würde sagen Wir könnten durchaus zwei Levelups rausbekommen Von Den Entrepreneur Esteban Und Rasierblatt Damit haben wir Quickel besiegt Quickel sollte nicht Zu viele Erfahrungspunkte geben Ich mein Das Glück sei gleich Das ganz gut aus Woin genau Woin genau ist ein Problem So wie üblich Das hat so viel KP Also ich rate nicht Kann ich abhauen Abgangspunkt gilt glaube ich nur für eine Runde Abgangspunkt gilt nur für eine Runde Glaub ich Hoffe ich Woin genau Du Musst Aufhören Das zu machen Nein Warum habe ich nicht direkt Fluch eingesetzt Um stark genug zu sein Um woin genau zu runshotten Oh Gott Fluch Das heißt es setzt jetzt Konter ein Oder sowas Spiegel came Los geht's Bis Das ist jetzt nicht wirklich wie es endet Das ist so ein dummer Angriff Oh mein Gott Das ist so ein dummes Pokémon Gluter War ein guter Aber die Zeiten sind vorbei Ich wollte Gluter doch weiterentwickeln Nein Und stattdessen haben wir es verloren Gott Das ist dumme Woin genau Oh mein Gott Es war mein Fehler Ja zugegeben Ich hätte Ich hätte es direkt one shotten sollen Versuchen sollen mit Biss Ich weiß Ich wusste nicht dass es Abgangspunkt hat Okay Ich meine dann wiederum auch wenn es Konter hätte Wer läuft auf die gleiche Begründung hinaus War mein Fehler Ist trotzdem dummes Pokémon Ich bin nicht begeistert mit dem Ausgang dieser Situation Absolut nicht begeistert Ich bin nicht zufrieden Ich wollte es Gluter noch zum Glurak wird Und das ist eine Sache die schlicht und greiflich nicht mehr passieren wird Ach Gott Ich werde vielleicht finden wir noch ein Glumander irgendwo Aber An dem Punkt muss ich doch leider sagen Dass das etwas unwahrscheinlich ist Und das dürfte Pritzel ganz gewesen sein Soweit Level 21 war eben genau So ein Schwachsinn Am Ende dann noch Fluch Die ganze Zeit eins Das war noch ein größerer Ich meine ich hätte aber nicht viele andere Dinge machen können Es war etwa so oder so Als ich es nicht mit einem Biss gekillt habe War die Situation Ich würde fast sagen aussichtslos An dem Punkt war es relativ vorbei Gut Gehen wir Schneeblein in den Epithaler Ich hoffe dass wir den Verlust aus dem Team irgendwie ausgleichen können Weil es aktuell noch nicht ganz viel Das Problem ist nämlich auch Das ähm Das äh Typing Ähm An der Front hat Gluter gerade auch eine gewaltige Lücke in meinem Team hinterlassen Ein Panpyro Äh Es hat Kampfangriffe Wisst ihr was Ich sage Felswurf reicht aus Es sitzt sowieso nur Flammenrad ein Ein komplett nicht effektiver Angriff Wirklich Bohrer Das ist das eine Mal das Fels noch daneben geht Lässt dich nicht verhöhnen Verhöhnen war glaube ich das womit Ich verwechsel verhöhnen immer mit dem einen anderen Angriff Es gibt einen der äh Bringt dass man nur offensive Angriffe einsetzen kann Also keine Angriffe mehr die keine Ahnung Statusveränderung einzig und alleine hervorrufen oder so Und dann gibt es noch den der bringt Dass man nicht mal zweimal nacheinander den gleichen Angriff machen kann Ich verwechsel sie immer Oh Apollo hat keine gute äh Keine hohe Verteidigung Wie wäre es wenn du mal mit dem Stein beworben wirst mein Freund Felswurf Wisst ihr die Sache ist Wisst ihr was das dümmste an Gluter ist Ich hätte wissen sollen dass es so endet Ich hätte es wissen sollen Es ist bisher noch mit jedem einzelnen Gluter genau so ausgegangen Das war eine Sache Die jemand im ersten und zweiten Paar Als wir es gefangen haben Hat direkt jemand geschrieben Oh Das Ich weiß nicht ob es wirklich jemand geschrieben hat Oder ich bin gerade einbild Aber ich könnte schwören Jemand hat so etwas geschrieben wie Oh Bei dem Gluterverschleiß Lebt es gefährlich oder sowas Ich weiß nicht Ich glaube es hat niemand geschrieben Aber spielt auch keine Rolle Ich habe auf jeden Fall den gewaltigen Gluterverschleiß Das ist nicht gut Bisher haben wir noch jeden Gluter verloren Gluter ist ein guter Aber Gluter ist auch ein gefährliches Leben Das ist nicht gut Haben wir hier was? Wollen wir gerade sagen Warum kann ich überhaupt hier rüber Wenn hier nichts liegt Aber da liegt was Ah ich denke ich Sieh was Vielleicht haben wir daraus gelernt Dass wir Okay nein Wir haben daraus gelernt Dass das Glück sei ein Item ist Das ich nicht verwenden darf Denn das Glück sei Ist zu stark Es ist zu sehr gecheatert Denn weil ich das gemacht habe Hat der Pokémon Gott da oben Arceus ist sein Name Er spricht den Namen Das ist respektlos Er hat es nicht so gewollt Dass jemand das Glück sei Einsetzt Und deswegen Hat der Gluter bestraft Für seine Sünden Das ist nicht gut Gluter war nämlich mein Pokémon Und ich bin bereit Ich bin bereit einzusehen Dass ich zum Teil Warum habe ich Sitzbank eingewechselt Dass ich zum Teil Für seine Sünden Verantwortlich bin Äh Au 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 Das war Das war Viel Schaden Wisst ihr welches Pokémon Gerade ziemlich gut In diesem Kampf wäre Weil es keine Weil es äh Weil Kampfangriffe Auf es nicht so effektiv sind Gluter Aber Lassen wir das äh Direkt Es ist für zu nichts Dieses Kickli ist stark Äh Eiszahn Energiefokus Ist ja der Angriff Der wenn Kickli überlebt Und sie tot bringen könnte Denn Ich weiß nicht Ob wir ein Pokémon haben Das im Volltreffer Von Kickli bestehen wird Außer vielleicht Schnäbelein Schnäblein Aber Das ist auch nicht der Sinn Geradax Ich wünsche Trashy Wäre ein Geradax geworden Dann wiederum Ist Geradax auch nicht so gut Und Trashy ist noch im Spiel Das dürfen wir auch nicht Vergessen Das dürfen wir auch nicht Unterschätzen Trashy kann noch ein Glurak werden Oh das wäre eine Wendung Dann wäre Gluter zurück Und gleichzeitig wäre Trashy Zu einem Gluter aufgestiegen Und das Das wäre eine wundervolle Wendung Wenn alles passiert ist Das Ganze übrigens geskriptet Und ich habe das alles vorbereitet Fürs Protokoll Dich zu besiegen Wird für niemanden Ein Spaziergang Ich weiß nicht Für manche Denke ich Ich gehe mal eben Ins Pokémon Center hoch Und dann Stellen wir uns Zum unbequemen Teil Der ganzen Sache Gluter Du warst Eines unserer ältesten Pokémon Ein guter Freund Den ich bereits Aus anderen Diversen Spielen Und Runs Kannte Du wurdest Reinkarniert In einer Form Die wir noch nie Zuvor von dir gesehen haben In der Form Eines Pflanzendinosauriers Deine Stärke Hat abgenommen Aber dein Charakter Der uns stets Ein Lächeln Aufs Gesicht gezaubert hat War nach wie vor Vorhanden Es schmerzt mich Zutiefst zu sagen Dass auch du Wie alle Anderen Gluter Die es jemals Vor dir gab Leider auch Gestorben bist Es ist Tut mir leid Ich hätte es Besser wissen sollen Aber Ich wusste es nicht besser Ich hoffe Du kannst mir verzeihen Verzeihen mir Die restlichen Pokémon Und dann können wir Schauen Ob ich noch was anderes Mitnehmen kann Auch wenn es natürlich Die Leere in meinem Herzen Die Gluter dort Hinterlassen hat Nie füllen können wird Kein Pokémon Wird das können Boah Ist ja dumm Er war eben genau tot Mh Entwickelt sich Auf Level 34 Oder so Entwickelt sich Auch sehr spät Wollen wir einen Stein Entwickelt sich Auf Level 30 Ich denke Es ist Zeit Für den Zappelfil Zu glänzen Das geht Zappelfil Level 30 Werden wir schaffen In absehbarer Zeit Wir werden es erstmal Nur nicht trainieren Aber Wir werden es später trainieren Und dann Werden wir sehen Zu was es wird Denn das Mundtier Ist es aktuell Nur so Semi hilfreich Ich glaube es entwickelt sich Auf Level 30 Ich hoffe es ist nicht 36 Oder so Das wird nämlich Ein bisschen nervig Aber ja Willkommen im Team Auch wenn du wahrscheinlich Den Eindruck hast Dass du nicht willkommen Im Team bist Glaub mir das Entspricht nicht der Wahrheit Aber Du trittst in große Fußstapfen Und ich glaube nicht Dass du in der Lage sein wirst Diese zu füllen Das muss ich ganz ehrlich Gestehen Außer dass es fortzunehmen Glurak zu werden Aber solange das nicht der Fall ist Wird das schwer Dann wird das eine sehr schwere Sache Und ich weiß dass da oben eine Höhle war Ich weiß nicht ob ich in den Krater weg Von hier aus reingehen will Ich bin ja generell unsicher Wo ich gerade am besten hin Ein Evoli Das können wir ja auch abholen Ist ja nur immer noch ein bisschen ungünstig Weiterzuentwickeln Weil wir Aus irgendwelchen Gründen Ich weiß nicht ganz wie es möglich ist Aber Aus irgendwelchen Gründen Habe ich noch keinen Stein gefunden Ich meine wir haben sogar ein Glücksei gefunden Unter anderem Items doppelt und dreifach Aber nicht einen Entwicklungsstein Natürlich könnten wir es auch Moment Moment reicht es nicht Wenn ich mit Evoli Den einen Stein Im Wald anklicke Moment 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 Ich glaube das reicht Das heißt wir können in den Wald gehen Und uns ein Evoli holen Nein warte wir können uns generell ein Evoli holen Und dann im Wald weiterentwickeln Das war in einer von den Städten Okay wisst ihr was Wir machen eine drastische Planänderung Eine drastische Planänderung Zuerst Werden wir das Knacklion ausschalten Denn es ist nervt mich Und das hindert mich gerade an meiner Planänderung Die sehr drastisch und sehr wichtig ist Eine Planänderung auf die ich nicht wirklich Lust habe Weil ich dafür viele unnötige kleine Änderungen am Rahmen vornehmen muss Und Das ist immer sehr nervig Aber Es muss getan werden Auch wenn ich mich nicht darüber freue Und zwar packt mir das Zappelfil wieder weg Denn wir brauchen ihn gerade nicht Dann Machen wir Pokémon bewegen Wir nehmen Flauschi mit Denn Flauschi kann fliegen Und fliegen wird wichtig Und dann Oh Gott wer wird vorübergehend gekickt? Ja was auch immer Schnellblein Du bist aktuell kurz gekickt Du kommst da wieder zurück Mach dir keine Sorgen Ich muss nur Platz im Team haben Damit ich das Evoli mitnehmen kann Wo war das Evoli? Ich habe absolut keine Ahnung War es hier ein Schleier? Nein es war nicht ein Schleier Es war aber irgendwo viel weiter zurück Äh wir finden Sache aus Na ich kann fliegen Früher oder später werde ich es schon hinbekommen Flauschi kann Ja ja Welchen Angriff wollen wir denn erlernen? Welchen wollen wir verlernen? Ich habe das Gefühl Wir können direkt den Heuler wegpacken Denn Weil er ist nicht gut Weil ich glaube Entwickelt sich Äh War Blu eigentlich weiter Ich glaube es war leider auch Äh Späte 30er Bis sogar 40er Äh Und hast du? Ich glaube in Herzhofen Bekommt man das Evoli Ich sage euch Welchen Typ gefunden habe Okay Dann warte Ich glaube in Herzhofen Wollt mir jemand Ein Porygon schenken Das Evoli war irgendwo Früher Das war nicht in die Jubelstadt Erzlinge Nein Ich glaube es war ein ewig genau Und ich sollte in Flori Noch ein Pokémon fangen können Ha Und äh Auch eine Sache Die in den Kommentaren Und gemerkt hat Was ich relativ interessant finde Diese Statue ist so designt Dass sie Sowohl wie Dialga Als auch wie Palkia Aussehen kann Sie ist quasi Eine Mischung aus beidem Je nachdem wie man es sich vorstellen will Kann man Pokémon sehen Dass es auf vier Beinen steht Oder eins Dass er die zwei Arme Da oben hat Und ich denke Das ist sehr fasziniert Weil Ja Ja Das sehe ich absolut Ich dachte mir Das solltet ihr wissen Das weiß ich Google jetzt einfach Wo man es her bekommt Wie sich herausstellt War es doch in Herzhofen Und zwar in diesem Haus Hier Direkt neben dem Pokémon Center Hast du das überlegt Möchtest du ein Evoli Ja Oh bei der war ich sogar drin Aber dann dachte ich mir Naja es waren noch zwei Leute Wo man es her bekommt Sehr bitte lieb zu ihm Er muss mir Möchtest du einen Spitznamen geben Ja Wir nennen es Äh Es ist Evoli Also fällt mir nur Ein Spitzname ein Der dafür angemessen ist Und dieser ist Äh Uli Ist das nicht lustig Dann müssen wir ihm Am Level abgeben Neben dem Moosstein Dem guten Olive Ernst Sehr neugierig Ich weiß nicht Ob ich nachschau Jetzt war ich relativ belanglos Äh Wir geben dir mal eben Den EP Tyler Den aber leider gerade noch Äh Nein Ist ein Nein Mein Controller ist leer Ich habe mir das nicht Ein Controller Wir brauchen dich nicht mehr lange Nur noch kurz Er ist wieder aus Also EP Tyler holen Und zwar den Ähm Unser kleines Schneeblein Noch bei sich Ah den brauche ich doch Kleines Schneeblein Kannst du ihn bitte Aus seiner Nase Nimm den nicht in die Nase Das ist Wirklich Eklig Ehrlich gesagt Dann geben wir ihn Äh Ulibe Und dann Gehen wir in den Ewigwald Und versuchen Wund und dem Äh Moosstein Darum Lab up zu machen Brauche ich Ein Sonderbonbon Dafür Oder reicht es Wenn ich dafür Ich denke es reicht Wenn ich generell In dem Umkreis Davon Kämpfe Ah Gott Wird das nicht klappen Werde ich nicht Begeistert sein Oh da oben Geht es wahrscheinlich Zur Villa Wer bist du Hallo da Hast du auch die vielen Gerüchte gehört Und bist deshalb Hierher gekommen Du weißt schon Gerüchte über das Geist Pokémon der alten Villa Ich habe auch Gerüchte Über unheimliche Schatten gehört Ich würde ja selbst Hineingehen Aber das ist Äh Weißt Ich bin äh Weißt du Ich bin mich ein beschäftiger Arenaleiter Und immer sehr beschäftigt Und wenn ich so beschäftigt bin Schaffe ich es nicht in die Villa zu gehen Das liegt aber nicht daran Dass ich Angst habe Oder so Also viel Erfolg Wenn du in die Villa erforscht Ziemlich beschäftigt Das Leben ist An jeder Leiter Bitteschein Okay Wer hat mir im Hinterkopf Wir suchen aber den Ähm Moosstein Wir brauchen Zerschneider Um da hin zu gehen Ich muss mir noch irgendeinen Pokémon aussuchen Den ich Zerschneider beibringen will So ich werde nochmal den normalen Schutz einsetzen Weil der sowieso nur ganz kurz hält Äh Der Moosstein müsste hier links irgendwo gewesen sein Wenn mich nicht alles gänzlich täuscht Sollten wir da sein Der Stein ist vom Moos bedeckt Das fühlt sich innerlich kühl an So ich hoffe mal Das ist reich Wenn wir den Grasian Level abholen Für Evo Okay Okay Sehe ich schon Pion ist hier unterwegs Warum nicht Das ist nicht mein Manaphy Wir wirfen es mit Steinen Das ist schwach Das hat es nicht verdient Wir brauchen ja nicht zu lange für ein Level ab 153 Erfahrungspunkte Äh Das wird schon ein bisschen dauern Oder Ja ein kleines bisschen Ich packe es mal in die erste Stelle Und dann würde ich sagen Ähm Wir sehen uns wenn ich das Level abfall hab Okay Wir sollten das Level abhaben Olive erreicht Level 21 Komm schon Yes Yes So was wird Olive Oh nein Oh nein 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 Ähm Ähm Mmm Noch ein Wasser-Pokémon Schieben wir es darauf, dass ich es nicht Weiter dabei haben will Aber Wir haben ein Pokémon, das Zerschneider lernen kann Ist das nicht auch schon mal ganz gut? Das heißt, wir können dann Noch in die Villa gehen Das machen wir nicht in dieser Folge, denn Ich bin hier schon wieder viel zu lang dabei Um das irgendwie Auszugleichen Also den Verlust, der Nicht gut war Aber Ein Bidifass dabei zu haben Da es Olive zu Bidifass zu boten Ist tatsächlich unfassbar gut Warum ist es gut? Weil Bidifass einfach Ich glaube, es kann sogar wirklich jede VM lernen Die es da draußen gibt Das heißt, wenn wir das auf dem PC Irgendwo herumliegen haben Egal was passiert, Olive werden wir einfach Aus dem Glas fischen und Olive Wird uns überall hinbringen Ich mag Olive übrigens nicht Wahrscheinlich war das der Fehler bei den Namensgebungen Aber ja Das Ich dachte, es wird was Cooleres Aber so soll ich mal das leben Und dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Das war Pokémon Platin Es war kein guter Verlust Den wir hingenommen haben Und ja Bis zum nächsten Mal Und gut Hallo Und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzog Challenge Beim letzten Mal Haben wir versucht irgendwie Oh ja, wir haben einen Zerschneider Ähm Na ja, versucht irgendwie noch Pokémon zu bekommen Und ähm Es lief nicht so gut Ah, das ist okay Wir haben noch einige Locations offen Und Wirklich Ich hab ein kleines Winziges Stückchen Hohes Gras berührt Oh, das ist direkt ein wildes Pokémon Okay Aber Wir hauen ab Und unser Ziel Ist die Geistervilla Ich bin mir nicht ganz sicher Ob er darin wirklich Ähm Warte mal Hat Olive hat keinen EP-Teiler Okay Äh Ich bin mir unsicher Was wir darin wirklich finden werden Ich weiß, dass es da Rotum gibt Aber Äh Rotum sollte nicht randomized sein Das heißt, das wäre relativ unangenehm Aber Gibt es da auch sonst Encounter Denen man nachgehen kann Ich weiß es gar nicht Wir werden es auf jeden Fall herausfinden Das ist soweit das Ziel des Ganzen Und dafür muss ich erstmal den Weg wieder rüber finden Äh Es war hier gleich um die Ecke Da bin ich mir sicher Es ist nicht mehr Da ist es Da ist es Seht ihr Ja, ich hab gesagt, es ist um die Ecke Und was ist um die Ecke Es ist um die Ecke Das habe ich nicht nur erfunden Das ist einfach ein Fakt So, haben wir ja vielleicht auch ein paar Items Die ich unter Umständen Nein Keine Items Die ich unter Umständen mitnehmen könnte Oh Fast keiner Da ist eins Oh, das sind wilde Pokémon Äh Dann lässt man den Schutz für eine Sekunde ablaufen Und man wird direkt belästigt Lass dich bitte in Ruhe, Tango, los Ich möchte jetzt wieder gehen Also, das Item Es ist Lucky Punch Lucky Punch war glaube ich für, äh Schanera, wenn mich nicht alles täuscht Das heißt, damit können wir denkbar weniger anfangen Lucky Punch Ein Item, äh, das von Schanera getragen werden kann Diese Handschuhe erhöhen die Volltrefferrate von Schanera Das wäre eigentlich ziemlich cool, aber Ich fürchte, wir werden nicht so schnell einen Schanera finden, ehrlich gesagt Alte Villa Haben wir hier Encounter? Wir haben hier Encounter! Komm schon Ein Ambi-Diffel Ambi-Diffel ist hervorragend Wenn wir das mitkommen, das eine okaye Fähigkeit hat Dann, oh, dann sind wir im Spiel Und ja, ich weiß, dass wir auch bereits ein anderes, äh Griffel bereits gefangen haben Aber das ist nicht der Punkt Ähm Wir können die es am besten fangen Ich denke, das ist wieder Zeit für Trashy Trashy? Es ist Zeit, den Müll nach draußen zu bringen Der Stauner Der wird mich nicht allzu sehr erstaunen Das war ein Fertreffer Ich wollte gerade sagen, wie kann ich so viel Schaden gemacht haben Aber der gute Giftschleim Alter, ist unter Kontrolle So, ähm Ich schätze, wir machen einen Zertrümmerer Ja, der Zertrümmerer ist okay Das senkt die Verteidigung Uh, das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt Oh Oh, ich glaube, ich werde direkt ein Pokéball werfen Weiß nicht ganz, was ich sonst davon halten soll Fangen wir mit dem Hyperball an Oh, du alter Hyperball Komm schon Ah, das ist nicht gut Das ist keine gute Fangquote Okay, folgende Sache Wir werden noch einen Zertrümmerer machen Ich meine, einmal die Verteidigung senken sollte sie noch nicht genug gesenkt haben Damit ich es jetzt umbringen werde Richtig? Richtig? Richtig, richtig Das ist kein Problem Äh Sei richtig Yes Okay Ich würde sagen Wir haben die denkbar optimalsten Äh Voraussetzungen Um Ambi Diffel zu fangen Oder ich werde Ambi Diffel übrigens trainieren Mit Doppelschlag ist Ambi Diffel ziemlich stark Wenn mich gerade nicht alles komplett täuscht Oh Gott Das bleibt ja überhaupt nicht im Pokéball Ambi Diffel, du machst mich damit gerade überhaupt nicht glücklich Weißt du das? Was, wenn ich einen Finsterball einsetze? Zählt die alte Villa als ein dunkler Ort? Nein, ich denke es ist ein dunkler Ort Das ist eine alte Villa Das ist auf jeden Fall kein heller Ort Ja, nicht dunkel genug überscheint Nein Nein Komm schon Das war so kurz davor Ah, ich wünsche ich hatte Schnapplein mitgenommen Das könnte einfach Donnerwelle machen Aber Natürlich habe ich nicht dran gedacht Ich dachte mir gerade noch Hatte ich nicht irgendein Pokéball oder Statuswendung machen kann? Ja, das hatte ich Aber genau deshalb bin ich dabei Ah Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern Oder? Ja Ja Ich ziehe alles zurück Das ging sehr schnell So Wir können es nicht Pachi nennen Denn wir haben bereits einen Pachi bekommen Nennen wir Anbegelfen am besten Langschweif Es ist mit seinen beiden Schweifen so geschickt Dass es seine Hände nur noch selten gebraucht Es hat auch keine Hände Es hat schichtunergreifend keine Ähm 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 Okay Dann nennen wir es Hans Steht ihr? Das ist clever Das ist so ein cleverer Name Hans Komm schon Komm schon Es scheint einen anzustarren Ich weiß es, wenn das passiert So kann ich vielleicht noch einen Schutz haben Ich habe so viele Items dabei Ich sollte wirklich anfangen Irgendwas langsam mal abzulegen Sonst wird das sehr, sehr anstrengend Die Frage ist natürlich Wo findet man hier Rotum? Ich habe absolut keine Ahnung Aber Dafür haben wir ein grün Stück Das ist bestimmt für irgendwas gut Und natürlich immer die Augen offen halten Ob hier jemand ein Item verloren hat Ich mag generell, dass die Geisterhäuser eine Sache sind In Pokémon Schützer Das war das Item, das Rizzeros brauchen würde Moment Yeah Eine Art von Schutzvorrichtung Steif und schwer Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon Wollen wir es ihm geben? Ich meine, es ist die Frage Ob die Entwicklung von Bora Davon abhängt Oder ob es die auf einem bestimmten Level erreicht Das ist nämlich auch eine Sache Die Leute meinten Ich habe ja eingestellt Dass alle Entwicklungen möglich sind Und da ist dann die Frage Wie funktioniert das? Funktioniert das so Dass das Pokémon Item tragen muss Und ein Level bekommen Um sich weiterzuentwickeln Oder auf einem bestimmten Level Einige Leute meinten nämlich Dass ich dafür ein bestimmtes Level brauche Was, keine Ahnung 40 oder 37 oder so sein wird Wo dann meine Pokémon sich auch entwickeln werden Aber ich glaube, die erzwungene Entwicklung Auf Level 36 oder 37 speziell Trifft an sich nur auf Auf die gegnerischen Pokémon zu Als Notizbuch Darin ist etwas gekritzelt Etwas seltsames ist mit einem Motor geschehen Stand das da drauf? Oh nein Der Motor Er ist verflucht Hilfe Die alte Villa ist riesig Es wirkt es, als ob das eine Villa wäre So ein bisschen Das macht mir ein bisschen Angst Aber auch nicht so, nicht viel Ehrlich gesagt Wir haben auch nochmal einen super Schatz So Was haben wir hier drin? Es ist ein Pokéball Überreste Starkes, 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 starkes Item Würde ich einfach mal behaupten Obst, nein Warte, ich will Ich will Rizzeros mal immer an die erste Stelle packen Ich meine Ich mag Bohrer als Rizzeros Aber wenn wir jetzt Schützer haben Dann müssen wir versuchen Ob wir es damit weiterentwickeln können Ansonsten wäre das nicht regelkonform Wenn ihr mich fragt Fernseher wird gruselig Er scheint einen anzustarren Ja, es ist mit dem Fernseher Einen anstarren Das ist das unangenehmste Und da ist ein Bett Oh, war das hier mit der Darkrai-Questline? Oder die eine schläft Die eine die ganze Zeit Albträume hat Und sowas Also bangstigend Und irgendwie habe ich Darkrai und Giratina verwechseln Das ist das, was ich sagen muss Passiert mir oft Oh, oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh, ich glaube, es spukt hier drin Ich glaube, hier gibt es Ge-Ge-Ge-Geister-Pokémon Hey, TM45, Schärfer Der ist absolut scharf Aber auch nicht so richtig gut Ich glaube, es wird den Angriff Das ist, glaube ich, ein Angriff von Porygon So, wo ist das kleine Mädchen hin? Kleines Mädchen? Bist du ein Geist? Wenn ja, dann sag's mir bitte Dann würde ich gerne gehen Langsam, aber sicher Es ist vielleicht ein anderes Zimmer reingegangen Schauen wir nach oben Nein Vielleicht beim Fernseher? Ich meine, der Fernseher war verdächtig Nein, nicht ganz Äh Weil, wo ist sie dann hin? Hey, Geist Wo bist du hin? Oh, da ist ein böses Bild Ich kann mich auch nicht ins Bett legen, so wirklich Abfalleimer ist leer Wo könnte sie sein? Ich meine, ich könnte nochmal in den Raum zur rechten Hier reinschauen Wenn sie da nicht ist, dann Keine Ahnung Ist sie nicht? Hm Ich schau mal schnell nach Okay Also, Rotum Kann man zwischen 20 und 4 Uhr Ähm Auszweifern dem Fernseher aus Bekämpfen, was ganz cool ist Aber Ähm, das Geistermädchen Ist einfach nur eine geisterhafte Erscheinung Mit der es nichts weiter auf sich hat Ihr habt gar nichts gesehen Es gibt aber noch eine Sache Die hier zufällig passieren kann Aber wir sollten sie triggern können Wenn ich immer wieder hier rein und raus gehe Wenn mich nicht alles täuscht Irgendwann Und dann Wird was so Gruseliges passieren Ich hoffe, ihr habt bereits eine Hose zum Wechseln dabei Denn die werdet ihr benötigen, wenn Oh Gott, ich bin wirklich gerade etwas erschrocken Wenn das passiert Und ja, es gibt zwei Geister hier Ähm Gehen wir einfach weiter Gehen wir weiter Und versuchen gar nicht erst weiter darüber nachzudenken Und das war die Geistervilla Ich hoffe, ihr habt eure Hose nicht zu sehr genässt Denn ich kann euch sagen Ich fühle mich gerade, als würde ich Im Planschbecken mich befinden Und wenn wir schon mal fliegen können Können wir auch mal eben nach Flori schauen Ich glaube, der Honig ist lange weg Weil, wann habe ich den verstreut? Vor zwei Wochen oder so Aber vielleicht können wir dann Pokémon fangen Mit etwas Glück So, bis es soweit ist, würde ich sagen Wir werden erstmal Bidifass wieder ablegen Denn wir haben aktuell nicht wirklich eine Verwendung dafür Wir benötigen keins Und dafür holen wir natürlich das gute Schnäblein wieder rein Ähm Bidifass Tut mir leid, Bidifass Aber es wird schon Da haben wir Patschi Und da haben wir Hans Hans Können doch einfach Hands heißen Wie Hände Aber das ist nicht der Punkt Liebt Kämpfe Uh Das ist hervorragend Schau ich mal, wie viel Angriff der hat Stafette Spaßkanone Hm Ich fürchte, wir haben Oh, warte Welche, welche Fähigkeit hast du? Techniker Steigert Effektivität von schwächeren Attacken Yes Das bedeutet, dass Angriffe, die Ich glaube, weniger als Was weiß ich Ich schau schnell nochmal nach Angriffe, die weniger als 70 Schaden machen oder so Werden dann, glaube ich, von der Stärke her verdoppelt Und das ist ziemlich gut Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt Techniker Techniker erhöht Stärke von Attacken um 50% Wenn ihre Basisstärke 60 oder weniger beträgt Okay Gut 60 oder weniger 50% Bonus Und zusätzlich bekommen wir dann noch ein bisschen Step Bonus Und äh Ich sag's euch Mit dem alten Hands Mit dem kann man eine Menge anfangen Wenn wir erstmal Hätte ich gute Angriffe dafür? Wollte ich noch einen Normalangriff Der im Allfall 60 Schadenspunkte austeilt Da ist natürlich der Doppelschlag Ein sehr starker Kandidat dafür Äh Lass mich mal eben Schnellblein in die erste Stelle packen Denn eventuell wollen wir hier ein Pokémon fangen Ich glaube, der Honig wird schon wieder wechseln Weil so viel Zeit vergangen ist Ja Da muss man halt am nächsten Tag oder so nachschauen Noch nach ein paar Stunden Und das ist ehrlich gesagt Aufnahmetechnisch Ähm Bisschen anstrengend für mich zu managen Muss ich ehrlich gestehen Dann würde ich aber sagen Wir können auf jeden Fall noch zurück nach Sandgämme Und in Sandgämme Können wir die Ange auswerfen Wenn wir schon dabei sind Können wir mal schauen Ist wir noch alles an Pokémon haben können oder nicht Ich denke, wir werden die Profi-Angel auswerfen Um nicht wirklich ein Grund dafür Route 219 Genau Wir können die Profi-Angel auswerfen Um nicht wirklich ein Grund dafür Ähm Gegen schwache Moment, Moment, Moment Schwach Pokémon hat zu treten Da fällt gerade auf, dass Wir haben wenig Bälle dabei Das heißt Wenn wir doch schon mal hier sind Das Sortiment von den Läden Sowieso aktualisiert wird Je nachdem, wie viel Ort man hat Nö Äh, wir müssen ins große Einkaufszentrum Nö Das ist also wild so nicht ganz hinhauen Ich wollte hier gar nicht hin Aber für den Fall der Fälle Sollte ich mal eine TM-Blitz mitnehmen Man weiß nie, ob wir das noch brauchen werden Damit meine ich weiß es wirklich nicht Aber Ich erinnere mich an Hard Gold Als ich in der einen Höhle von Mewtwo Keinen Blitz hatte Und Das war nicht schön Oh, das war Das war das absolute Gegenteil von schön Ich würde fast sagen Das war hässlich Es war eine hässliche Erfahrung Ich muss dann im Endeffekt Bei Poké-Wiki nach dem Ähm An einem gesamten Über Ähm Scan-Teil Von dem gesamten Gebiet nachschauen Und mich so dann irgendwie Durch das Dunkle navigieren Und Das war nicht schön Seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger Was der TM's Randomizer angeht Jetzt haben wir eigentlich Irgendjemand von euch hier Poké-Bälle verkauft Ich habe jetzt schon alle angequatscht Das kann doch nicht so schwer sein Knus- Ich will keinen Knusp Ich will einen Poké-Ball Ich will keinen Lava-Keks Ich will einen Poké-Ball Wut geht Es war einfach im Eingang Wir nehmen zwölf mit Und ich denke es reicht Äh Wobei verkauft ihr daneben vielleicht noch ein paar Interessante Poké-Bälle Äh Nicht wirklich Okay Dann war das erstmal genug Und dann Gehen wir zurück nach Sandgämme Und von dort aus Werden wir einen Pokémon fangen Und dann werden wir schauen Wie wir unser Team am besten aufbauen Vielleicht werden wir es gar hinbekommen Ist typmäßig sogar Vielleicht ein bisschen Ich weiß auch nicht Ein bisschen Abwechslungsreich Ich würde fast sagen Sinnvoll zu gestalten Das wäre ziemlich gut Aber Ich will mich mal noch nicht so früh freuen Und ich glaube In der ersten Stadt Beziehungsweise der Stadt In der man wohnt im Spiel Ich habe den Namen vergessen Dort müssen wir auch noch was angeln können Wenn mich gar nicht alles komplett täuscht Kofiange Oh und diesmal habe ich die Paralyse dabei Hey Ist das nicht Ist das nicht bezaubernd Das weißt nichts an Das ist okay Ich will auch Ich will auch nicht wirklich anbeißen Bin mir jetzt gar nicht zumute danach Okay Und wir haben ein Voltoball Das sollte zum einen Donnerwelle lernen Und zum anderen sollte es sich In absehbarer Zeit weiterentwickeln Apoko Donnerwelle Kann ich zufälligerweise Aber es kann Punkt spielen Das ist ebenfalls guter Angriff Mächtig zufälligerweise Donnerwellen Yeah Okay Ich war mir uns sicher Ob das eine Sache ist Die gegen Elektropoken funktioniert Okay Paralyse Dann machen wir Eroas Sollte Voltoball leicht überleben Yeah Ich dachte ja gesagt Dass sogar ein bisschen mehr Schaden macht Das war Ich würde fast sagen Dass das ein bisschen enttäuschend war Wir machen er noch einmal Und dann werde ich denke ich Ein Pokéball werfen Und ich vermute Es sollte ausreichend sein Für Voltoball Voltoball ist übrigens ein Pokémon Das ich immer ziemlich cool fand Und Elektropall Ich weiß auch nicht ganz warum Und ich würde mir echt wünschen Dass es davon einfach mal Ein paar regionale Formen geben würde Die verschiedene Pokébälle Wiederspiegeln und sowas Ich denke das wäre super cool Oder wenn es generell Eine Möglichkeit gibt Wie man seinen Voltoball Elektropall modifizieren kann Damit das Aussehen Auf verschiedenen Pokéballen basiert Ich denke das wäre so eine spaßige Idee Ich hoffe es werden sie irgendwann machen Ist einfach so Es sieht einfach so auf der Hand Sieht aus wie ein Pokéball Es ist gefährlich Dass es bei Berührung explodieren kann Ich würde sagen Wir benennen es In Referenz An den besten Pokémon NPC Den es jemals gab Baldrian Naja hieß glaube ich Baldrian Oder so Wie auch immer Ich bin denn Baldrian Ich meinte den aus Pokémon Schwert und Schild Wie hieß er nochmal Hieß er Baldrian Ich glaube er hieß Baldrian Hier ist irgendwie sowas in der Richtung Okay Es ist so oder so nah genug dran Ist mir egal Ich werde mir diese Korrektur Jetzt gar nicht erst anhören Ihr wisst genau Dass es nah dran ist Balduin Ich glaube es war Balduin Balduin war sein Name Nicht Baldrian Aber egal Ist trotzdem Baldrian Also Werfen wir nochmal die Profi-Age aus Dann würde ich sagen Ich wäre nachschauen Wann sich Voltoball weiterentwickelt Und dann Werden wir schauen Ob wir vielleicht Ein, zwei Pokémon Weiterentwickelt bekommen Wer weiß was wir bekommen könnten Oh Das ist gut Oh das ist so gut Okay Schnellblein Lass dir nicht anmerken Dass wir zutiefst beeindruckt sind Von diesem männlichen Roserade Das hat leider noch glaube ich Keine als guten Angriffe bisher Aber Roserade müsste ein Pokémon sein Das Potenzial hat Äh Hyperwald Flieg Ich weiß nicht ganz Wie ich das mit dem Anschwäch machen soll Weil Flugangriffe werden jetzt Sehr effektiv sein Deswegen Ich muss es einfach mal so versuchen Und die gute Paralyse Paralyse hat es Wieder mal geschafft Okay Ein Eintrag im Pokédex Der Blumenstrauß Es kann mit beiden Händen Verheerend angreifen Seine Hände Enthalten unterschiedliche Gifte Beruhigend Ähm Roserade Ähm Roserade Ähm Roserade 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 Nicht dass der Name Sinn ergibt oder so Aber mir war zumute, einen PF-Laut einzubauen. Denn das ist der majestätische Laut, den wir in der deutschen Sprache von uns geben können. Einfach nur ein Pfff. Rosa Apfel. Ich habe das sehr seltsam aussprochen. Gehe ich von Jubelstadt eigentlich nach... Oh, da muss ich surfen, glaube ich, um nach Fletburg zu kommen. Das heißt, das ist keine Option. Bei Jubelstadt habe ich, glaube ich, auch schon geangelt. Ich glaube, das war ganz okay, soweit. Das heißt, ich gehe mal eben nach Schleiede. Wo muss ich eigentlich generell vom Spiel aus als nächstes hin? Oh ja, wir können von Schleiede nach Süden gehen. Da waren wir stehen geblieben. Ich schaue mal eben nach, auf welchem Level sich Voltobal weiterentwickelt. Wenn das noch gestartet ist. Voltobal. Voltobal entwickelt sich auf Level 30. Das ist an sich in kreifbarer Nähe. Jedoch ist es noch ein bisschen weit weg. Also werden wir das Ganze mal soweit ignorieren. Und ich denke, ich werde soweit auch mal Flausche wieder aus dem Team kicken. Ich meine, es hat hervorragende Arbeit geleistet. Aber es ist Zeit, Platz zu machen für die Zukunft. Wer wird die Zukunft sein? Wer weiß das schon. Trashy werden wir auch mal trainieren können, damit es sich vielleicht irgendwann mal weiterentwickelt. Was ganz cool wäre. So. Ich persönlich. Wir sagen, wir haben ein paar Optionen. Zappelfill entwickelt sich auch auf Level 30, meine ich. Pachi entwickelt sich auf Level 34, war das, glaube ich. Baldrian auf Level 30. Rosapfill ist schon komplett. Entwickler, die frei ist jetzt natürlich. Den wollen wir. Hans, Hans, mache ich natürlich. Oder Rosapfel. Rosapfel, was ist mit dir? Liebt es zu rennen? Naiv. Ah, so guter Spezialangriff. Zauberblatt. Sind beide so gut. Ich denke, wir müssen einfach für Type Coverage uns für Rosapfel entscheiden, ehrlich gesagt. Rosapfel wird erstmal hilfreicher sein. Aber, zuallererst, wenn wir jetzt mal schauen, wir eventuell Bora weiterentwickelt bekommen. Was wahrscheinlich sich als Fehler herausstellen wird, denn Bora ist aktuell in Kombination mit der Zoom-Linse wirklich stark. Aber wer will starke Pokémon, wenn wir ein weiterentwickeltes haben können? Wäre es nicht super cool. Und ja, ich will hauptsächlich auch schauen, ob das welchem Schützergeber sich damit dann weiterentwickelt. Denn das finde ich relativ spannend herauszufinden. Was mir gerade einfällt. Ich bin hier in die Reingegangen. Maniac-Höhle. Jeder nennt mich nur den Ruinen-Maniac, aber mir ist das ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinen-Maniac, der fasziniert von Inkognito ist. Aber das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlicher. Wie wäre es, wenn wir uns ein Wettrennen liefern würden? Es geht los, so fängt es die Kognito und ich glaube hier weiter. Mal sehen, wer jetzt erst fertig ist. Schmeicheln. Weil war Schmeichler nicht das, was der Spezialangriff stark senkt? Oder Spezialangriff stark steigert? Schmeichelt Gegner, um ihn zu verwirren und erhöht dessen Spezialangriff. Au, das ist wie Angeberei nur für Spezialangriff. Das würde jetzt euch erschrecken. Aber ich glaube nicht, dass ich es mehr leisten kann. Den Spezialangriff von meinen Gegnern stark zu erhöhen. Pommelhoff, dafür brauchen wir einen Mondstein, um es weiterzuentwickeln. Kritisch. Aber gut. Dieser Pommelhoff-Sprite ist übrigens fürchterlich. Das gefällt mir nicht. Irgendwas daran missfällt mir auf sehr vielen Ebenen, muss ich leider gestehen. So, wir machen Donnerwelle und dann, äh, werde ich den E-Pokéball werfen. Dann sollten wir Pommelhoff auch schon gefangen haben. Und? Das wird Schneeblein nicht beeindruckt, wird sich leider gestehen. Immer vor, ihr seid ein Pommelhoff, ihr müsst gegen, äh, ein, ein, ein... Ja, wie heißt das nochmal? Ah ja, Voluminas kämpfen. Und das ist einfach vom typisch Stein und Stahl. Ihr versucht einen Pfund draufzumachen und es ist bringt einfach nichts. Die Frage ist nur, wird er sich noch aus dem Pokéball? Es wird sich aus dem Pokéball befreien. Pommelhoff will, dass dieser Kampf langwierig und nervig wird. Oder ist okay? Oh, es ist kein Walzer. Wenn, da gibt es Sinn. Das ist musikalisches Pokéball. Natürlich muss man auch tanzen können. Hey, was? Ah, ich weiß nicht, ob ich mit Schneeblein in Arturation kämpfen könnte. Ehrlich gesagt. Wir werden vielleicht gegen Pokémon, die eine Flugschwäche haben. Aber ansonsten eigentlich, dass ich größte Sektor noch schwierig werde. Schneeblein bräuchte einfach einen Angriff, der irgendwas bringt. Und ich denke, dann hat Schneeblein absolut Potenzial, wirklich hilfreich zu sein. Aber dafür braucht man einen Angriff, der irgendwas bringt. Und nicht dumme Flugangriffe, die noch von Habitat übrig sind. Wir haben auf jeden Fall die Donnerwelle, welche enorm viel Unterschied macht. Und uns in Zukunft, denke ich, kommen wir mit der Verteidigung noch unglaublich weiter. Aber wir brauchen noch was anderes. Der Ballon. Sobald es mit seinen großen, runden Augen rollt, fängt es an, ein Lied zu singen. Und jeder schläft ein. Wir nennen es Puma. Wie ein Puma. Nur ein Pummeluf. Ein Puma. Oder wenn man Puma falsch ausspricht. Ein Puma. Oh, wenn wir, wenn wir irgendeinen Raumkatzen-Pokémon finden, sollte ich es auch Puma nennen. Wir haben mir gefällt Puma. Das ist halt der hervorragende Klang, wenn ihr mich fragt. Hier sollten wir uns soweit die Trainer... Okay, noch nicht gesiegt haben. Meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich... Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. In allen Himmelsrichtungen. Alle vier. Mein Gott. Denkbar schlechte Wale im Kampf gegen Bora. Muss ich leider sagen. Felswurf. Oh, der Sandwirbel. Oh, das war ein denkbar guter Angriff gegen Bora. Die Frage ist nur, war er auch gut genug? Die Antwort ist ja. So ist Bora also ohne die Zoom-Linse. Ich habe ja auch gehört, dass Zoom-Linse in Kombination mit einem Eintreffer-K.O.-Angriff ziemlich gut funktioniert. Also mit sowas wie... Komm schon, Bora. Sowas wie Geofissur. Oder Hornbora. Was andere sind die Bora beide lernen können sollte? Komm schon, greif doch an. Denn Bora ist einfach eine Eintreffer-K.O.-Maschine. Dazu muss ich noch anmerken. Ich finde es übrigens immer noch etwas... ...hart. Dass es in Pokémon-Spielen Guillotine als Angriff gibt. Hier finde ich immer noch lustig. Das ist einfach so ein echtes Tötungswerkzeug. Aber manchmal braucht... Manchmal braucht man einfach die alten Klassiker, um den Kampf zu gewinnen. Nicht recht. Scheiße, ich habe die ganze Welt da versucht nach mysteriösen Rätseln. Oh. Ja, ich auch. Ja, ich liebe mysteriöse Rätsel. Ich wollte kurz sagen, ich hasse sie, aber... Ich liebe mysteriöse Rätsel. So. Natürlich würde ich jetzt gerne sagen, ich bleibe gegen Barmelin drin. Aber das wäre die falsche Entscheidung. Denn Barmelin ist ein Pokémon, welches Wasserangriffe hat. Und Boras Verteidigung gegenüber speziellen Wasser- und Pflanzenangriffen ist lächerlich niedrig. Ich bin mir sicher, die Aquaknarre hätte über die Hälfte einen Schaden gemacht. Wenn es was Stärkes eingesetzt hatte, wie Blubstrahl oder so, dann hätten wir wahrscheinlich das Ganze nicht überlebt. Das ist die Sache an Borra. Borra ist stark in seinen Einsatzgebieten, aber Borra hat auch ganz deutliche Schwächen, die sich schwer ausgleichen lassen. Das heißt, wenn Borra gegen das falsche Pokémon im Kampf steht, dann würde ich sagen, dass es sehr schön sterben wird und ich alles wieder gegenwachen kann. Und das wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir ein bestes Leben für Borra. Level 30. Mal schauen, ob der Schützer was gebracht hat. Keuch. Noch eins, Keuch. Oh, es geht los. Borra entwickelt sich. Oh, oh, oh. Ich meine, okay. Es ist ein bisschen seltsam, dass ich zu einem Stufe 1 Puffmann wurde, aber die gute Sache ist... Oh, ich liebe den Gedanken, dass Borra zum kleinen Puffels wurde. Und es hängt einfach nur rum und kratzt sich am Kopf. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da sollte ich mich kämpfen lassen. Auf jeden Fall können wir es ja direkt nochmal weiterentwickeln. Das ist die gute Sache daran. So, äh, packen wir Sitzbank nach vorn. Da bin ich mal gespannt, wie viele Entwicklungen er ein Puffmann haben kann. Ich denke, je nachdem, wie es läuft, können sich Puffmann vielleicht zehnmal weiterentwickeln oder so mit den Einstellungen. Ich glaube, da sollte es kein Limit geben. Aber wir werden es herausfinden. Ein Magnison. Das fand ich nie so cool. Ich denke, wer solltet ihr wissen? Ähm, ja, Hydro-Pumpe schätze ich. Voller Treffer ins Auge. Versucht mit der anderen nicht ins Auge zu spucken. Das sind Sachen, die man echt nicht machen sollte. Sehr unhygienisch. Das Auge ist dann doch ein bisschen zu empfindlich für sowas. Äh, ein paar Pferde. Superschall und Paralyse. Oh, dieses Magnison. Ey, ich fühle mich gerade so, als wäre ich in der Magnison und ich sterbe. Das empfällt mir nicht. Ich hoffe, Superschall zu machen. Ich bin bereits verwirrt. Oh, schauen, Sitzbank. Oh, Sitzbank. Sitzbank bleibt beim Ball. Ich sollte Sitzbank übrigens Überreste geben. Fällt mir gerade auf. Ich meine, Seegesang ist nett, aber... Manches Seegesang einfach nur Überreste in schlechter. Ich meine, Seegesang... Vielleicht Heizseegesang mehr als Überreste oder so, aber... Ich weiß, ich fühle mich einfach nur schlechter als Überreste. Aber... Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich da komplett falsch liege mit dieser Einschätzung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber... Ich bin, äh, nicht so tief drin im Pokémon-Kampfsystem. Ich weiß, es ist ein Schocker. Sie ist ja jetzt mit mir abfassig. Irgendwie Leute, die sagen, oh, willst du nicht irgendeinen von, keine Ahnung... Das ist ein superschwer... Der Überreste hat ihm so viel. Es ist das gleiche wie mit dem Broken Sword Run oder so in Dark Souls. Generell so Low-Damage-Runs in verschiedenen Spielen. Es klingt immer lustig, aber dann, wenn man erstmal für Stunden gegen den gleichen Gegner kämpft, der auch dann, wenn man nicht stirbt und für eine halbe Stunde lebt, dann denkt man sich, oh ja, vielleicht warst du ja gar nicht mal so lustig. Ich sehe inwiefern, dass auch Pokémon sich übertragen lässt, aber ich meine, da verliere ich einfach nur oft. Was will Potrott jetzt machen? Ach, ich mach nochmal keinen Fußstrahl. Okay. Dann war das soweit die richtige Entscheidung, schätze ich. Ist Potrott schneller als Labras? Nein! Nicht der Beute. Hydropumpe! Potrott ist, glaube ich, in Spezial- und physischer Verteidigung sehr hoch, oder? Äh, ist nicht so hoch. Potrott ist auch eine Sache. Es ist so ziemlich, glaube ich, eines der ersten Pokémon aus den Pokémon-Spielen, welches es eine Fähigkeit hatte. Und zwar in Generation 2. Ähm, hat ein Pokémon auch keine Fähigkeiten. Also sowas wie zum Beispiel, wenn das ist der Labras, wahrscheinlich Notwasser oder so. Und da war es relativ interessant, dass Pokémon halt eigentlich, ich hab halt einfach nur gekämpft und sie hat ja keine Angriffe und das war's. Aber bei Potrott war die Sache. Wenn man Potrott eine Bäre gegeben hat, und es gab dann immer noch nicht mal wirklich verschiedene Bären. Und da gab es verschiedene... Die normale Bäre hat auf jeden Fall KP gehalten. Wenn man so eine Potrott gegeben hat, bekam man etwas später dann Bärensacht von Potrott. Und das ist eine Fähigkeit, die... Ich glaube, es war so zu mir, als der erste Pokémon eine Fähigkeit hatte, deswegen auf diese bizarre Art und Weise. Völlig interessant. Oh, ein Schlapprohr. Äh, wie wär's, wenn wir Blizzard mal zur Abwechslung einsetzen? Oh, das hat Kampfangriffe. Das macht aber nicht so wenig viel Schaden. Ich hatte... Oh ja, Blizzard ist... Blizzard lässt das Spiel sterben. Ich hatte kurz ein bisschen Angst. Du weißt, das hat sogar so wenig Schaden gemacht, dass ich sage, wir werden Labras einfach drin lassen. Los, jetzt Spunk! Ach, komm schon, Ausdauer. Ausdauer ist so ein Spielverderberangriff. Hab ich denn Ausdauer überhaupt irgendwelche Zwecke? Ich meine, ich schätze, wenn der Gegner... Oh ja, doch, ich kann mir vorstellen, als wenn man einfach ein Bild macht mit seinem Pokémon, der darauf hinausläuft, dass man, ne Ahnung, den Gegner vergiftet oder so, wenn man Toxin auf den Gegner gemacht hat und dann setzt man hin und wieder ein Schutzschild ein und wenn man dann kurz vor Tod ist, vielleicht nochmal Ausdauer. Einfach nur, um Gegner zu nerven. Ausdauer ist so ein Angriff, der nur da ist, um Gegner zu nerven. Das ist nur, um Zeit zu schämen. Gott, ich hasse diesen Angriff. Das ist bestimmt hilfreich in gewissen Einsatzgebieten. Das macht ihn aber nicht weniger nervig. Staravia. Ich würde sagen, das ist ebenfalls ein guter Kandidat, um von einem Blizzard erfasst zu werden. Wenn ich das einfach mal so spontan in den Raum werfen darf. Und Blizzard trifft erneut und die Framerate stirbt! Dann erkennen wir aber, dass es stark ist. Mit jedem Hit, der gelandet wird, gibt es einen Freeze-Frame. Das ist Sachen, die viele Spiele machen. Und ich denke, jedes Spiel sollte das machen. Es fühlt sich immer gut an, wenn man einen Schlag auf den Gegner landet und man ganz kurz für ein Street-Frames das Bild stehen bleibt. Man denkt sich, yeah, das war ein Treffer! Es ist einfach so ein gutes Feedback. Es ist so simpel, aber es fühlt sich immer gut an. Und Zumpax ist ein Surfer. Hydro-Pumpe. Daneben. Okay, Zumpax. So wirst du auf jeden Fall den Kampf gewinnen. Dann machen wir gleich nochmal Hydro-Pumpe. Überreste Hain einfach so viel mehr als Sege, sagen wir beide von Lapras. Ha. Ich bin ein bisschen erstaunt. Und... Ziemlich guter Damage soweit. Lebensschuss. Der sind keine Genauigkeit, sondern Initiative. Damit kann ich soweit relativ gut leben. Lapras ist sowieso nicht unbedingt bekannt, um wieder das schnellste Pokémon zu sein. Äh, Aquawelle. Und wir haben diesen Kampf gewonnen. Und dann sollte ich das Pokémon in der ersten Stelle mal wieder auswechseln. Denn Sitzbank hat nicht mehr so viele AP übrig, wie ich mir wünschen würde. Eventuell werden wir auch mit der Route dann noch fertig irgendwann. Aber ich würde mich nicht zu sehr drauf verlassen. Und... Das sind viel zu wenige Erfahrungspunkte. Das sind viel zu wenige. So werden wir Bohrer nie weiterentwickelt bekommen. Warum was aktuell bei Nasenbohrer fällt mir auf? Zählt das? Ja, das ist mit Krokodok an erster Stelle. Warum ist Krokodok gespricht? Oh ja, wegen dem, äh, Family, gegen das wir gekämpft haben. Ups. Okay. Komm ich da links ran? Hier komm ich... Okay. Habe ich noch einen Schutzaktiv? Wenn ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, dass ich das erholen... Nein, ich glaube, wir brauchen noch Erfahrungspunkte. Ich will nicht so in Gas. Seegesang! Ich habe das Gefühl, an dem Punkt wiederholen sich einige Items ziemlich oft. Was okay ist, weil es größtenteils gute Items sind. Aber, äh, ein bisschen seltsam. Naja, Magnison sind hier unterwegs. Das ist kein optimaler Gegner für Krokodok. Würde man meinen. Aber Krokodok hat den Himmelhieb! Da ist der Kinnharten deines Lebens, mein Freund. Ich hoffe, Magnison wird es nicht überleben. Oh, ho, 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 ho. Ich merke übrigens, dass der Kampf sehr effektiv auf Stahl ist. Das ergibt nicht wirklich Sinn, weil... Ich meine, man muss schon ein starker Kämpfer sein, um Stahl zu bewältigen. Aber ich werde mich nicht beschweren. Dann wiederum braucht man auch sehr heiße Flammen, um Stahl zu schmelzen. Also, ergibt das mit beides Sinn. So, Half-Fix. Nicht wirklich. Das war es gleichermaßen. Nicht sinnvoll. Kühnheitsufer. Das ist so kühn. Wir können ja auf jeden Fall ein Pokémon fangen. Denn scheinbar haben wir in dieser Folge noch nicht genug Pokémon gefangen. Dann können wir noch eins rausholen. Und... Uuuuuh... Nein! Warum sage ich nein? Folgende Sache. Folgende Situation. Äh... Was Leute meinten, oder... Irgendjemand meinte das bei Tarnhill. Tarnhill ist wohl das Pokémon mit der niedrigsten Fangrate im Spiel. Und, ähm... Ich wüsste nicht ganz, warum sie bei Metacross höher sein sollte. Das heißt, wenn, ähm... Diese niedrige Fangmutter auch auf Metacross zutrifft, dann werden wir nicht in der Lage sein, es zu fangen. Äh... Wer beschwärgt das am besten an? Ich denke, wir schicken mal, ähm... Ich denke, wir schicken mal, ähm... Kokodok raus. Oh, eiskalt verfolgung gemacht. Mal trotzdem nicht für Schaden gegen schnell bleiben. Wenn wir Metacross aber gefangen bekommen, dann wäre das ziemlich gut. Ich würde mich mal nicht zu sehr drauf verlassen. Denn, äh... Ich bin glorreich an Tarnhill gescheitert. Wir haben es aber auf jeden Fall soweit paralysiert bekommen. Und das ist eine hervorragende Hand. Schau, ich habe die Verteilung, was er allein schon hat. Übrigens, äh... Kleiner Auffrischer an der Stelle. Wenn wir in einem regulären Kampf gegen ein Metacross kämpfen werden, wird das problematisch. Denn ich habe nichts, dass Metacross wirklich Schaden ausrichten kann. Okay. Ich denke, besser werden wir es nicht geschwächt bekommen. Wir werfen Pokéball und schauen, wie es läuft. Hyperball meine ich damit natürlich. Wir verschwenden uns die Zeit. Ich bitte mal in Pokéballen. Komm, schauen. Sieht nicht so gut aus. Teichlauer. Wenigstens muss ich mir um mein Leben nicht so viele Sorgen machen. Dann wiederum... Da habe ich das Gefühl, ich würde gerne wieder zu Schnäblein wechseln. Denn Schnäblein hatte viel höhere Verteidigung. Und ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn Krokodov plötzlich eine Konfusion abbekommen würde. Wie viel Schaden die machen würde. Deswegen will ich mein Glück mal nicht allzu sehr herausfordern. Also. Hyperball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Es sieht aber besser aus, als bei dem Tarn-Hehl auf jeden Fall. Wir können es eventuell hinbekommen. Ich würde trotzdem sagen, äh... Ich spüre die ganze Sache mal ein bisschen vor. Und dann, äh... Sehen wir, wenn es klappt oder wenn ich aufgebe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Metacross gefangen! Das ist also der stärkste Pokémon im Spiel! Mehrere Metern bilden dieses Pokémon. Oh, okay. Mit seinen vier Gehirnen besitzt es die Intelligenz eines Supercomputers. Eines Supercomputers von 2005. Ähm... Metacross. Er ist ein stehlanes Pokémon. Eine Maschine. Ein Computer. Eine Tötungsmaschine. Wir nennen es... Ich wollte gerade sagen, wir nennen es Megacross, aber nein. Hm. Hm. Okay, hier haben wir einen Namen. Wir nennen ihn... Oh nein, das passt nicht ganz. Okay, ich wollte es der Strammer Max nennen. Das passt also nicht. Also machen wir... Äh... Stramm Max. Aber wir wissen alle, dass er ein Strammer Max ist. Der gute, stramme Max. Er wurde gefangen. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein großes... Das ist ein großes Pokémon soweit. Und ich würde sagen, ähm... Tragischerweise bedeutet das auch, dass es an der Zeit ist, für Schneeblein unser Team zu verlassen. Ich weiß, ich weiß, ich bin auch außer mir vertraut diesbezüglich, aber... Wir haben andere Stahl-Pokémon gefunden. Es ist, wie es ist. Ich hab's mir auch nicht so ausgesucht. So, stell dich mal vor, ich hätte einen Shaloko bekommen. Dann wiederum hätte Shaloko sich zu allem entwickeln können. Also, vielleicht wär's nicht so verkehrt gewesen. Hallo, Kamerateam. Äh, die Pokémon des Sees werden sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Daher liegen wir hier versteckt auf der Lauer. Oh, die drehen eine Doku quasi. Stehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Oh, hier braucht man Kraxler. Das schreckt mich immer so sehr. Äh, haben wir hier ein Pokémon Center zufängerweise in dieser Stadt? Kühnheitshof. Das ist nicht wirklich eine Stadt, oder? Das ist doch nicht wirklich ein Pokémon Center. Ist ja kein Item. Hey. Oh, ist ja kein Item. Ja, ich muss mich hier doch aufhalten. Okay, wisst ihr was? Schauen wir uns das noch an, dann sind wir fertig für heute. Hallo. Ja, ich auch. Glaubt ihr, glaubt ihr, Alien-Pokémon existieren wirklich? Ey, ich glaube, es gibt da draußen welche. Also, wir sehen nicht von mir. Ey, ich bin eine ganz einfache Seele. Meine Gitarre spricht für mich. Alles, was ich brauche, sind meine Musik und meine Pokémon. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Es soll auch andere Leute wie mich geben, die von Pokémon Center zu Pokémon Center ziehen. Okay. Zieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Ein kurzer Moment der Freude. Aber vergiss nicht, Freude und Leid liegen dicht beieinander. Ah ja. Wir sind Reisestraßenkünstler. Und da wir uns jetzt kennengelernt haben, schenken wir dir das hier. Äh, danke schön. Weiß ich sehr zu schätzen, Herr Reisener Straßenkünstler. Bizarro-Raum ist eine versteckte... Das ist nicht Bizarro-Raum. Lass mich in Ruhe. Was ist TM92? Dreschpflege. Dreschpflege ist kein Hit. Sagen wir es, wie es ist. Selbst wenn es diese Ministadt zwischen Kühnheitsufer und Route 213 liegt. Wechselhülle. Was ist Wechselhülle? Moment. Das muss ich nachschauen. Ein Item zu tragen. Dieser harte Panzer ermöglicht den Austausch des Trägers gegen ein wartendes Pokémon. Was ist ein wartendes Pokémon? Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt zu salzig wie meine Tränen, die ich am Ende des langen Urlaubs vergieße. Ja. Beständlich. Ich vergisse auch gerne salzige Tränen. Hallo. Ich bin der Game Director. Oh, du arbeitest an deinem Pokédex. Ich hoffe, du zeigst mir den Pokédex noch einmal, wenn er noch mehr Einträge besitzt. Hallo, Herr Game Director. Ich werde da mal weiter gehen, wenn das gestattet ist. Was ist das? Sieben Sterne Restaurant. Der Ort des guten Geschmacks. Sieben Sterne. Das klingt nach einem ziemlich guten Geschmack. Ähm. Hier ist der Hauptgang. Ja, was gibt's? Möchtest du gegen uns antreten? Nein, ich möchte meine Pokémon heilen. Das Restaurant genießt man mehr als nur vorzüglichen Menüs. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit. Aber ich will meine Pokémon heilen. Ihr müsst doch irgendwas zu Pokémon heilen da haben. Äh, was ist das hier? Stopp, stopp, stopp. Ja, das mach ich. In Sonne weg, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeitet bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Ach so. Stromausfall. Ja. Was soll ich nur tun? Ich hab's tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüsse zu verlieren. Schon wieder. Die Leute in dieser Ferneinlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen hab. Wenn ich doch nur das Itemradar hätte, damit würde ich ihn im Handumdrehen finden. Dann haben wir eine Mission. Wo ist hier eine Rezeption überhaupt? Hier ist ein Restaurant. Oh, das hier wahrscheinlich. Aha. Moment. Eins links. Der B-Schlüssel! Und wir haben ihn gefunden. Das war ein Basis-Item. Hallo, gute Frau. Ich hab den B-Schlüssel gefunden. Was mach ich denn jetzt nur? Ich hab den B-Schlüssel verloren. Oh, das ist ja ein Schlüssel zu meinem Bungalow. Du hast ihn für mich gefunden? Das ist aber süß von dir. Dankeschön. Oh. Bitter. Keine Belohnung? Nein? Okay. Hey. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier gebe ich ein kleines Dankeschön. Eine weiße Flöte. Yes! Oh, ich glaub, damit kann man direkter gratis aufwachen. Oh, die zieht wilde Pokémon an. Ach. Ja, die will ich vielleicht doch nicht ganz haben. Mehr wilde Pokémon. Das Gefühl, damit hatte ich nie ein Problem, dass ich zu wenige wilde Pokémon hab. Bei mir darum, es kann doch nicht schaden, das bei sich zu haben, schätze ich. Das bringt doch auch echt nicht so viel. Aber hier waren wir schon. Ja, ja, ja. Lass mich in Ruhe. Typ mit Gitarre. Hier zieht von Pokémon Center zu Pokémon Center. Aber habt ihr hier irgendwo auch ein Pokémon Center zufälligerweise? Zu dem ich hinziehen kann. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Yeah. Starkes Pokémon wie Gluta. Starkes Pokémon wie Gluta. Ja, okay. Hier ist kein Pokémon Center mehr. Dann würde ich sagen, ich werde trotzdem mal abspeichern. Und wir sind soweit fertig für heute. Die Folge wurde wieder länger als erwartet. Aber wir haben viele Pokémon gefangen. Der Fortschritt war nicht groß, aber mein Gott. So viele starke Pokémon. Ich denke, das Team könnte noch sehr interessant werden nach dem Part von heute. Und wir werden natürlich beim nächsten Mal auch noch sehen, in was sich unser guter Bohrer alles entwickeln wird. Denn ich habe das Gefühl, er hat noch eine große Zukunft. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzok Challenge. Ich habe gehört, dass es hier einen NPC gibt, der meinen Pokémon auffallen kann. Ich habe gehört, dass ich jeden NPC eingequatscht habe, außer dem, der meine Pokémon heilt. Äh, du. Du bist ein Reiser? Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Du hast schon mal über die Strudel in Serie Junioto gehört. Ich war da, mein Freund. Ich war dort. Ein silberfarbenes Pokémon. Einmal im Leben möchte ich das sehen. Das ist nicht der NPC, der mich auffallt. Aber okay, dann habe ich wohl, äh, zwei nicht angesprochen. Ich werde ihn jetzt finden, okay? Ist es der? Das ist ein Rohr. Geht nächstes Mal mehr. Ist doch vorzüglich hier. Nein, Moment. Mit denen habe ich geredet. Könnte das unmöglicher wahr sein? Es ist der Typ von der Rezeption. Möchten Sie hier übernachten? Oh. Tut mir leid. Wir sind komplett ausgebucht. Also Sie dürfen mir gerne für eine Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Der Typ von der Rezeption heilt meine Pokémon. Das sind üblicherweise die, die am allerwenigsten zu erzählen haben. Die führen ein so dermaßen langweiliges Leben. Ich schlafe ein, wenn ich nur daran denke. Und ausrechnet er. Ist dieses Mal in der Lage, mich zu heilen? Unglaublich. Immer wenn man denkt, man hat alles gesehen. Außerdem, wisst ihr, was wir jetzt schnell sehen werden? Wir werden uns durch die Kämpfe, beziehungsweise wir spüren uns durch die Kämpfe. Und dann, bist du mindestens ein schüchternes Kind? Äh, wer weiß das? Und dann schauen wir uns an, zu was sich Borah entwickeln wird. Er ist aktuell ein fauler Nasen-Borah. Ich bin mir sicher, da steckt noch ein Kämpfer in ihm. Borah versucht Bezierzer zu lernen. Auch von Borah würde ich mich nur zu gerne bezirzen lassen. Bittet charmant um das gehaltene Item des Gegners und stiehlt es dann. Gefällt mir besser als Hornat. Warte, Hornatacke macht 65 Schaden. Ich dachte, Hornatacke wird einen 40er Angriff. Wie auch immer. Wir haben Level abbekommen und zusätzlich den Angriff geraden. Dann würde ich sagen, wir bringen diesen Kampf zu Ende. Und wir sehen, zu was sich unser Borah entwickeln wird. Uh, das gefällt mir überhaupt nicht. Und es wird übrigens Zeit, dass Borah sich zu irgendwas Gutes entwickelt. Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Team sehr unausgeglichen ist. Das Problem ist, dass Schneeblein nach wie vor nicht in der Lage ist zu kämpfen. Schneeblein macht einfach viel zu wenig Schaden, um irgendwas zu machen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie arbeiten. Und die beiden Pokémon hier sind relativ... Ich meine, Kokodok ist okay, aber wir haben nicht viele Pokémon, die tatsächlich kämpfen können. Okay, Borah, zu was wirst du? Oh! Oh! Es bohrt sich durch die Erdkruste bis in den glühenden Kern der Erde. Borah wurde zu einem Heatran. Oder soll ich es Heatran nennen? Kleine Babys klingen wie Pokémon. Pia! Das ist richtig. Oh, schaut euch Borah an. Feuer und Stahl. Das, das weiß ich zu schätzen. Die Stats sind nicht so gut, wie ich mir wünschen würde, oder? Ja, doch, doch. Sollt ihr okay sein. Spezialangriff ist ziemlich gut. Das heißt, der Felsbruch wird aktuell nicht so gut sein. Aber die Initiative bleibt niedrig. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall bei der Zoom-Linse bleiben. Und, ähm, ich danke dir, Borah. Ich habe das Gefühl, das ist, äh, du hast auf jeden Fall die große Bodenschwäche bekommen. Aber, ich denke, ein heißes Pokémon wie du, das muss ich davon nicht einschüchtern lassen. Natürlich könnte man jetzt sagen, oh, gilt das so, wenn ich das ins Team nehme. Und dazu muss ich sagen, ich meine, ich habe es fair und ehrlich. Ich habe meinen Rizeros aufgegeben und Borah wurde dafür zu einem Gott der Vulkane. Ich habe es mir nicht so ausgesucht. Und das ist, wie es einfach gelaufen ist. So, dann geben wir Rosapfel mal eben den EP-Teiler. Und dann würde ich sagen, ähm, ich würde mit Borah gerne im, äh, praktischen Einsatz, im Kampf noch anschauen. Und, ähm, dann machen wir noch die restlichen Trainer. Und dann, äh, können wir weitergehen. Also, was habt ihr alles auf Lager? Auf jeden Fall wäre es erstmal relativ wichtig, Rosapfel ein bisschen hochzutrainieren, damit wir ein paar Pflanzenangriff bekommen. Außerdem eine Sache, auf die ich hingewiesen wurde. Es gab im Einkaufszentrum noch einen ziemlich guten Angriff zu kaufen. Das war, ich glaube, es war Schocksamen, was der Signaturangriff von, äh, Manafee ist. Nicht Manafee. Wie heißt es das? Nein, Manafee ist das Wasser-Pokémon. Nein, ich, ich meine, ich meine. Äh, warte, 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 mir wird es gleich einfallen. Moment, Moment, lass mich erstmal den Felswurf machen auf Tangela. Warte, Borah ist der schnellste von hier. Okay, wisst ihr, weiß ich, ich habe einfach absolut gar keine Ahnung, was für Stats Pokémon auf Level 31 haben sollten. Wenn Borah ein schnelles Pokémon ist. Warte, welches Pokémon habe ich gemeint? Wir hatten das in Hardgold im Team, es hieß Blumpoffi. Oder so ähnlich. Na, das war ziemlich genau der Name. Das ist diese eine, Generation 4, legendäres Pflanzen-Pokémon. Scheimen! Scheimen! Das war's! Au! Scheimen ist das Pokémon, das ich meinte. Außerdem, äh, das ist kein so guter Schaden jetzt soweit gewesen, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Vielleicht sollten wir einen Stampfer versuchen. Stampfer macht. Ebenfalls der unterdurchschnittlichen Schaden. Ähm. Eventuell braucht unser guter Borah einen speziellen Angriff. Hm. Das ist jetzt am Felswurf war davor noch so gut. Und jetzt hat er irgendwie an Bedeutung verloren. Mach mich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber dafür bekommen wir okay Erfahrungspunkte. Und dieses dumme Tangela heizt sich nur auf. Okay. Dann würde ich sagen, ich glaube es waren alle Trainer von hier soweit. Oder habe ich die auf der rechten Seite verpasst? Ist mir egal. Und dann, äh, werde ich mal schnell zum Pokémon, äh, zum Einkaufszentrum zurückgehen. Und dann, äh, schauen wir mal was wir TM-technisch alles kaufen können. Wir haben jetzt sowieso noch ein bisschen Geld verdient durch, äh, Kokodok. Der Kokodok ja nach wie vor das Münz-Ambulett trägt. Und ja, äh, das werde ich machen. Und dann würde ich überlegen, wie ich, äh, Rosapfel am besten trainieren werde. Äh, so Schocksamen. 5500 nehmen wir gerne mit. Ich meine, V-Stadt wäre wahrscheinlich auch eine Überlegung wert, ehrlich gesagt. Ich meine, es kostet ja kaum was. Okay. Dann schauen wir mal, wer die TMs erlernen kann, soweit. Falls du irgendjemandes lernen kannst als bisschen, äh... Oh, ich hab V-Stadt. Ah, das hab ich mal gefunden. Wenn mich das direkt Rosapfel beibringen könnte, dann würde ich das tun. Aber das kann ich nicht, denn TMs sind randomized und, äh, seltsam von der Handhabung her. Das ist wieder mal ein gutes Beispiel dafür. Ah, ja, okay. Hm. Schwierig. Äußerst, äußerst, äußerst schwierig. Magensäfte, Säurepanzer. Jetzt alles keine Hits unbedingt, würde ich fast behaupten. Oh, wir haben gute TMs, aber die kann gerade niemand lernen. Naja, gut. Ach ja, und eine Sache, die mir gerade einfällt, die ich komplett vergessen hatte, wie am Metacross gefangen. Wie konnte ich das vergessen? Keine Ahnung, aber ich hab's irgendwie vergessen. Äh, wir hätten ja einen Metacross gefangen. Was machen wir denn jetzt am besten? Wir haben keinen Platz für drei Stahltypen, Schneeblein. So leid es mir auch tut, aber es ist wieder mal Zeit für die Ersatzbank, für dich. Und der stramme Max, er ist bereit, uns Glück zu bringen. Hat noch keine so guten Angriffe, aber das wird schon. 90 Angriff und direkt Level 28. Direkt bereit, loszukämpfen. Willkommen im Team, stramme Max. Das ist ein sehr blaulastiges Team, fällt mir gerade auf. Auch wenn natürlich Trashy streng genommen nicht blau ist, aber der kleine Sprite hat ziemlich viele blaue Töne. Okay? Da möchte ich sagen, das sieht doch soweit ganz gut aus. Und eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Zwischen dieser Aufnahme und der letzten liegen ausnahmsweise mal keine Woche, sondern einen Tag. Das heißt, wir sollten am Hodikbaum endlich... Komm schon. Ah, was? Muss man ein paar Stunden später wiederkommen, glaube ich. Das war Schwachsinnig. Unser erstes wildes Pokémon, dem der stramme Max begegnet. Strammer Max, zeig uns, warum du den Namen trägst. Oh, und der Neutral-Torso. Und ich denke, das dürfte Glaciola noch lange nicht gewesen sein. Der Metallklaue ist gar kein so starker Angriff. Zusätzlich muss der stramme Max natürlich noch ein paar EVs sammeln. Von denen hat er aktuell gar keinen. Und deswegen ist es vielleicht doch noch ein bisschen schwächlicher. Aber ich bin mir sicher, der stramme Max, er wird sich in unserem Team einfüllen. Wie verfahrungsputzt ist das? 392. Uh. Das ist gar nicht mal übel. Genau. Mein eigentlicher Plan ist aber ansonsten. Wir werden jetzt ein bisschen weitergehen. Und diese Gegend hinter uns lassen. Und wir können das Spiel weiterspielen. Ich bin jetzt schon seit 25 Minuten unterwegs. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch kein bisschen Fortschritt an den Tag gelegt. Aber es gibt so viele Vorbereitungen und Kleinigkeiten, die man in dem Spiel immer erledigen muss. Schrecklich, sage ich euch. Hey, hey, hey. Ich kann auch kämpfen. Ja, aber weißt du, was ich kann, was du nicht kannst? Lesen und schwimmen. Ja, ganz recht. Hier sehen wir, das kleine Mädchen mich besiegen wollte. Dann habe ich hier diesen Hammer an den Kopf geworfen. Und sie meinte nur, hey, los, Kukuna. Yeah, die Runde habe ich gewonnen. Ach, der gute alte Herd noch. Ich muss aber sagen, ich würde sagen, die Neuzugänge, die wir in diesem und dem letzten Part für uns gewinnen konnten, sind Dinge, die durchaus, sind Teammitglieder, die das Team durchaus verstärken werden. Und ich denke, aktuell haben wir viele gute Kandidaten, mit denen wir auf jeden Fall relativ weit kommen können. Das Problem ist nur aktuell, dass sie definitiv noch neue Angriffe lernen müssen. Das heißt, wir werden sehen, wie das alles ablaufen wird. Zum Beispiel, macht mir Bora aktuell etwas Sorgen. Der Magma-Borra. Das Problem ist nämlich, dass ich nicht weiß, ob ein Heatran tatsächlich was lernen wird. Und das ist keine so gute Voraussetzung. Außerdem Konfusion. Auf das Stu-Floor. Aber hey, dafür dürfte der Rosapfel und der Streber Max innerhalb von kürzester Zeit akzeptabel werden. Ich weiß nicht ganz, ob ein Streber Max ansonsten noch irgendwelche akzeptablen Angriffe lernen wird. Aber den werden wir alles hinbekommen. Da mache ich mir ab und keine Sorgen. Bis es soweit ist, sammeln wir Erfahrungspunkte. Ein Quapo? Quapo ist so ein cooles Pokémon irgendwie. Ich weiß nicht nur, warum, aber ich mag Quapo sehr. Hatten wir mal ein Quapo... Ich glaube, wir hatten auch mal in irgendeinem Nasog Challenge ein Quapo, dass ich viel eingesetzt habe. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwie Überroller immer eingesetzt habe. Und damit hat sich selbst Schaden gemacht. Ich glaube, es war ein starkes Quapo, aber ich kann mich auch echt nicht mehr allzu gut daran erinnern. Aber ich könnte schwören, dass wir eins haben. Oh, war das Frogger? War das Quapo das Frogger? War das ein Diamant sogar? Ja, so eine lange Lore, die inzwischen hinter diesen ganzen Videos steckt, dass es schwerfällt, das nachzuverfolgen. Äh, Schanera war, glaube ich... Schanera war ein spezieller Verteidiger, richtig? Also es hat auf jeden Fall viel KP, aber ansonsten war, glaube ich, die spezielle Verteidigung ziemlich hoch. Weshalb man mit physischen Angriffen durchaus den gewissen Effekt erzielen kann. Mein Gott, da sind viele Erfahrungspunkte. Rosapfel erreicht Level 22. Lazy Wayne. Der Lazy Wayne. Er wurde wieder mal besiegt. So kann ich hier mich durchschleichen? Nein, zufälligerweise nicht. Oh, das ist eine neue Route hier unten, oder? Warum gehe ich dafür hier entlang? Route 213. Hm. Hatten wir Route 213 bereits? Das ist jetzt die große Frage. 12 und das hier oben war 14. Äh, nein. 213 ist neu. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir noch hohes Gras finden. Und wenn nicht, dann werfen wir die Angel aus. Aber ich denke, es sollte noch irgendwo hohes Gras sein, oder so. Ich meine, aktuell sieht es nicht ganz danach aus. Aber ich würde das mal noch nicht ganz, äh, äh, ausschließen. Bei einem extravaganten Ort, worin sich ein extravagantes Restaurant befindet. Diese extravagante Restaurant besuchen extravagante Leute, die sich für so extravagant halten, dass sie nicht alleine kämpfen wollen. Ja, da war ich. Ja, da war ich. Wir müssen natürlich einfach, ähm, speziellen Angriff machen. Und der sollte Stolos dann in der von kürzester Zeit dahin raffen. Denn Stolos Spezialverteidigung ist ungefähr so niedrig, wie seine reguläre Verteidigung hoch ist. Habe ich recht? Ja, ja, das Tesser sieht übel aus. Daran wird auch deine Eisenhabwehr nichts ändern, mein Freund. Auch wenn du es wirklich versuchst. Und da ist die Aquaknache, die uns zum Sieg führt. Stolos blauen Augen sehen seltsam aus auf dem Hintergrund, außer wäre seine Schädel einfach leer. Es hat eine Menge Erfahrungspunkte gegeben. Mein Gott. Ach du meine Güte, so wild greifst du an? Ganz recht. Ich bin einer der wildesten Angreifer, die man in der gesamten Sinnoregion finden kann. Oh ja, ich habe Trashy nicht vergessen. Wir werden Trashy auf jeden Fall auch noch weiterentwickeln. Geheimpower. Uh. Wie viel Schaden macht Geheimpower? Ist das ein 60er Angriff zufälligerweise? Ich glaube, Geheimpower war 80, oder? 70. Oh. Wer kann das lernen? Essenziell jeder. Wer hat Verwendung dafür? Strammer mag es dann ansonsten ein gutes Step-Angriff für Kokodok nicht wirklich. Aber, aha, Kokodok hat gute Type-Coverage. Wir werden es mal eben nicht erlernen. Wir behalten es im Hinterkopf, aber ich weiß ja nicht. Oben auf dem großen Clip ist irgendwas. Das sagt mir meine innere Stimme, aber wie will ich denn nur hinaufkommen? Können es, keine Ahnung, raufkraxeln quasi. Eine Art Kraxler. Aber viel verstehe ich davon auch nicht. Schritt-Tritt-Haus, Fußabdrücke überall. Auf Schritt und Tritt. Oh. Ich dachte, wir wären am Boden welche. Dr. Schritt-Tritt. Für mich ist es sehr einfach, Pokémon zu lesen. Ich muss mir nur ihre Fußabdrücke ansehen und ich kann ihre innersten Gedanken erkennen. Oh, du glaubst mir nicht. Nun, dann lass den Metacross doch mal vor mir herlaufen. Aus seinen Fußspuren werde ich lesen können, was er für dich empfindet. Es denkt, warum setzt er irgendwie männlich immer noch andere Pokémon ein, wie mich? Werde ich nicht gebraucht? Wäre ich besser in der Wildnis geblieben? Oh Gott, nein. Strammer Max. Es tut mir leid. Nein, ich sollte diesen Tränen auch weiterhin eine Chance geben. Strammer Max, ich wusste nicht, dass du so empfindest. Und das denkt der Metacross über dich. Okay, aber was denkt Bora? Nein, nein, nein. Was denkt Trash über mich? Echt, ich möchte wissen, was Trash über mich denkt. Ja, ja, okay. Es denkt niemals im Leben, hätte ich gedacht, dass ich irgendwann einmal mit einem Menschen zusammenreisen würde. Wenn meine Skunkerpuff-Freunde mich so sehen würden, wären sie vermutlich erstaunt und schockiert. Oder aber auch neidisch. Ja, das kann ich mir vorstellen. So denkt mein Trash über mich. Aber wie denkt Sitzbank über mich? Das ist natürlich auch ne wichtige Frage, die man nicht unterschätzen sollte. Ja, das ist mir sehr wichtig zu wissen, was Sitzbank über mich denkt. Sitzbank ist sehr stolz auf MOP Männlich und ich bin sehr stolz auf Sitzbank. MOP Männlich und Sitzbank sind die besten Freunde. Yes! Hm, Lapras hat gar keine Fußabdruckband hinterlassen. Da ist es natürlich sehr schwierig für mich, seine Gedanken zu erkennen. Aber ich kann sagen, dein Lapras und du ihr seid sehr nahe. Hier, das schenke ich dir. Das Fußabdruckband. Damit hat Sitzbank das Fußabdruckband, weil Sitzbank und ich so gute Freunde sind. Schau dich, das hat ein Band für ein Pokémon, das einen besonders guten Fußabdruck hinterlässt. Ist es nicht ironisch, dass dieses Band das Pokémon bekommen hat, welches keinen Fußabdruck hinterlässt? Ich denke ja. Aber wisst ihr was? Das reicht soweit erstmal. Ich habe bekommen, was ich wollte. Und ich traue mich nicht herauszufinden, wie Krokodok zu mir steht. Denn Krokodok hat mal... Es ist schnapp manchmal, wenn ich versuche es zu schlafen zu bringen. Und das macht mir ein bisschen Angst und ich will nicht weiter nachfragen. Ich will Krokodok nicht wütend machen, okay? Denn man weiß nicht, was dann passiert. Ich habe Gerüchte gehört, was passieren kann, aber... Ich will es nicht am eigenen Leibe herausfinden. Denn ich kann ganz gut damit leben, ohne dass mir jemand meine linke Backe abgebissen hat. Sowohl oben, als auch unten. Impergator sind berüchtigt dafür. Aber tut mir leid, genug Politik für heute. Visaflor. Ähm... In einer perfekten Welt könnte ich Bohrer dagegen einsetzen. In der Welt, in der wir leben, werde ich den strammen Max einwechseln. Denn Bohrer hat keine Feuerangriffe und das ist etwas problematisch. Schlaf, Bruder, auf strammer Max. Und es geht nicht daneben. Äh... Strammer Max! Weiß dich zusammen! Du musst aufwachen! Du musst aufwachen! Du kannst nicht einfach schlafen! Du bist gebodycheckt! Das ist mal nicht allzu viel Schaden. Ich meine, ja, strammer Max ist ein Stahl-Pokémon. Und dementsprechend natürlich so stramm, wie es der Name, der namensgebende Typname vermuten lässt. Aber das ist trotzdem sehr wenig Schaden, den wir genommen haben. Das ist schon strammer Max. Er ist auch ein sehr müder Max. Das darf man auch nie vergessen. Komm schon. Du musst aufwachen. Du bist für deine Freunde. Du bist für... Sitzbank. Du bist für Bohrer. Und Trashy. Alle da draußen. Sie zählen auf dich, strammer Max. Denn sie haben nicht wirklich Lust, selbst gegen das Wieser Floor zu kämpfen. Für die meisten wäre es nicht wirklich ein allzu problematischer Gegner. Aber dann meine ich Bohrer. Aber Bohrer hatte auch echt keine Lust. Bohrer hat generell, seit es zu einem Halbgott wurde, nicht mehr wirklich Lust zu kämpfen. Das heißt, das ist eine Problematik, mit der ich mich eines Tages auseinandersetzen muss. Denn ich habe das Gefühl, es hört nicht auf mich. Das meine ich nicht in der Hinsicht von Orden, aber gleichzeitig... Vielleicht liegt es an der Orden-Situation. Ich habe das Gefühl, es hält sich für zu mächtig. Ich habe gesagt, Bohrer. Wir brauchen einen Feuer- oder Stahlangriff, damit du irgendwie von Nutzen sein kannst. Und wie sie es gemacht hat. Felswurf. Stein. Direkt an meine Schläfe geklatscht. Ich bin drei Wochen im Koma gelegen. Und seitdem führen wir das Abenteuer fort. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Äh, Aquawelle. Das war mir aber sehr wichtig, die Geschichtserzählung meiner Pokémon etwas auszuweiten. Damit wir ungefähr wissen, wer wo steht. Okay? Das ist wichtig. Außerdem haben wir Champion Leo besiegt. Ich weiß nicht, ob ich ihn Champion nennen würde. Aber ich weiß, dass ich mal eben ins Pokémon-Center gehen werde. Und hey, es ist 17 Uhr geworden. Das heißt, es wird langsam dunkel in dem Spiel. Mit ins Pokémon-Center meinte ich zu dem Typen hier in der Rezeption. Also gut. Wir haben den Angler besiegt. Dann würde ich sagen, wir könnten hier entlang gehen. Oh. Welches Geheimnis wird dort auf uns warten? Wer weiß das schon? Es ist ein Baum. Äh. Honig-beschmierte Bäume. Es schmiert übrigens kein Honig an Bäume. Fürs Protokoll. Ich weiß, dass ihr es in dem Videospiel gesehen habt. Das heißt aber nicht, dass ihr es machen sollt. Das gute Blütengold. Oh. Oh, das ist gut. Ha. Hatten wir uns nicht schon auf der anderen Route? Aber das ist eine andere Route. Ich habe extra nachgeschaut. Ja, okay. Ja. Ja, doch. Nehme ich mit. Habe ich kein Problem mit. Dann bekommen wir ein Glaciola. Oh, das ist auch eine gute Spezialverteidigung. Kann das sein. Ich hoffe wirklich, dass die Fangquote nicht so schlecht sein wird. Aber das ist... Oh, das ist sogar ein Volltreff überliebt. Das ist ziemlich gut. Wir haben leider aktuell keinen Platz im Team dafür. Aber... Das ist gut. Das ist gut. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Für den Fall der Fälle in der Zukunft. Überball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, das war ziemlich einfach. Das ist sogar super einfach. Und wir haben Glaciola gefangen. Okay. Was sagt der Pokédex dazu? Neuschnee. Neuschnee. Erzeugt ein Diamantgestöber durch das Einfrieren der Luft um sich herum. Da oben. Hm. Glaciola. Evoli. Eis. Ähm. 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 Ich kann kein Klischee-Namen wählen wie Flocke. Für ein Eis-Pokémon. Das ist einfach nur fürchterlich. Ähm. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich bin tief in mich gegangen und habe für drei Sekunden überlegt und ich weiß, welche Namensgebung uns noch fehlt für ein Pokémon. Davon wurde ich inspiriert von einem NPC. Ähm. Den wir gesehen haben. Und es ist äh. Blau. Das meine ich nicht. Im Blau im Sinne von dem NPC-Blau. Beziehungsweise der Figur-Blau, dem Rivalen von Rot. Sondern Blau im Sinne von, das ist die Farbe von dem Pokémon. Ja. Deswegen habe ich Glaciola-Blau genannt. Ich meine, irgendein Pokémon mussten wir so nennen in Anlehnung an das Pikachu namens Gelb. Das war doch ein richtiges Pokémon. Warum nehme ich die dummen Bären mit? Ich werde keine davon jemals für irgendwas verwenden. Aber ich kann doch nicht einfach dran vorbeigehen. Ich kann mir da nicht helfen. Es tut mir leid. Hallo. Hey, hast du schon mal von der Kampfzone gehört? Yeah. Bist also eine von den eingeweihten Personen, die sich auskennen. Was? Ein Auskenner, wie? Ich habe gehört, dass es ein total toller Ort ist mit Kampfbereichen, die alle eigenen Regeln haben. Yeah. Ich meine, ob es nicht nur die Leihkämpfe. Läufst du am Strand durch den Sand und da lässt du Fußspuren. Pokémon Leben ist genauso sehr, wie Menschen Fußspuren zu hinterlassen. Ich sehe schon. Ich hoffe, es ist ein richtiger Fußspuren-Fanatiker. Weideburg. Hallo Weideburg. Lass mich direkt ein Foto machen. Yeah. Klingt quasi glibunkel. Was ist mit dir? Grrr. Ich warte schon ewig auf das Paket aus Schlei-Ede. Was ich jetzt hier drauf warte? Ich werde noch ganz verrückt davon. Oh. Ich würde gerne etwas unternehmen. Etwas, das ganz viel Krach macht. Ja. Ein krachender, krallender Job für Team Galactic. So etwas wie Team Krall? Großmob. Pokémon. Oh. Hier ist die Safari-Zone. Oh. Oh. Manche Trainer verändern mir bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit ab, bis das Pokémon ein bestimmtes Level erreicht und bestimmte Attacke gelernt hat. Ja. Sowas dürfen wir nicht machen. Du erinnerst mich an diesen ungeduldigen jungen Mann. Äh. Jungen, den ich vor kurz getroffen habe. Er hat genau wie du ein sehr enges Verhältnis zu seinen Pokémon. Hey. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Oh. Mit diesem Weißflaum wird dein Pokémon bestimmt bezaubernd aussehen. Weißflaum. Cool. Äh. Danke. Schätze ich. Damit kann ich eine Menge anfangen. So viel Weißflaum. Hallo, du. Ich möchte mir deinen Pokémon ansehen. Vielleicht ist er ja ein Schal wert. Stehe. Nun, das ist nicht das, was ich eigentlich zu sehen hoffe. Ich möchte dich nicht anlügen. Daher sage ich es dir offen ins Gesicht. Dieses Pokémon ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so lala. Wenn du so eine Ausschauung verbessern willst, gib ihm ein paar Knuspe. Nein. Die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau aus Schleiede. Oh, die Wellnessfrau. Pokémon halten Briefe für sie in der Hand. So bleiben sie in Kontakt. Oh. Ah. Ich erinnere mich an euch. Ich erinnere mich daran. Keine Ahnung am Boden, wie mir scheint. Es gab ja eigentlich eine Arena in der Stadt. Es gab eine Arena. Dann würde ich sagen, der wellenbrechende Marinos ist hier zu Hause. Ich denke, wir gehen zum wellenbrechenden Marinos. Und dann sind wir erstmal fertig für heute. Das ist übrigens ein Fehler, dass ich die NPCs im Pokémon Center immer ignoriere. Denn ich habe das Gefühl, es gibt hier keinen, der einem irgendwelche Items geben können. Wenn mich nicht alles täuscht. Dementsprechend sind mir die relativ egal. Muss ich mal so ehrlich gestehen. Ich habe die Interesse daran, mit NPCs aus dem Pokémon Center zu reden. Was, wer bin ich? Wie ich der Pokémon Center flüstere oder so? Das ist nicht mein Problem. Hallo. Äh, Jochen. Hoppla. Reingelegt. Keine Sorge, ich renne dich ja nicht bei jedem unserer Treffen um. Na, wie läuft es denn so immer für männlich? Kräftig am hochpöppeln deiner Pokémon. Wie? Dann wollen wir doch mal sehen, wie zäh die mittlerweile geworden sind. Aber vielleicht werden wir auch nur den Kampf heute machen. Nachdem, wie lange der dauern wird. Lazy Jochen. Du hast einen Bohrer? 34? Kritisch. Ähm. Bohrer kann vielleicht Erdbeben. Ich denke, ich fühle mich am sichersten, wenn ich auf Prokodok auswechsel, ehrlich gesagt. Sonst vertraue ich dem Ganzen nicht so sehr. Bodycheck. Ja, okay. Das, ähm. Da hatte ich wohl zu viel Angst. Aber es hat trotzdem mehr Schein gemacht, als ich mir wünschen würde. Aber! Spezialverteidigung von Rizzeros. Nur richtig niedrig. Das war die Sache, die mir jetzt noch, als unser Bohrer selber noch Rizzeros war, ein bisschen Angst gemacht hat. Und genau deswegen hat sie mir Angst gemacht. Das war eine Aquaknarre. Von einem Pokémon, das noch ein paar Level niedriger ist und keinen guten Spezialangriff hat. Na, er kennt ihn übermäßig gut. Ich glaube, er sollte relativ durchschnittlich sein von Prokodok. Aber ja, Spezialverteidigung von Rizzeros. Das ist nicht gut. Absolut nicht gut. Da musst du mit aufpassen, wenn du das weiterleben sollst. Kann aber Surfer lernen. Warte, kann er es? Oder war das... Oder war es nur Nido-Kick? Ich glaube, Rizzeros konnte auch. Ich bin mir gerade unsicher. Ist ja was ignoriert diese Information? Ich kann sie nicht mit voller Zuversicht aussprechen. Maske Regen. Das ist ungefähr 36. Ähm. Das ist von der Levelkurve her gerade nicht gut für mich. Wisst ihr das? Das sollte so nicht sein. Ich meine, die Pokémon können zum aktuellen Zeitpunkt auch nur schlechte Angriffe. Das ist eine gute Sache. Aber das wird sich noch ändern. Und dann... Oh, ein Volltreffer. Krokodok, du Krokomaschine. Oh, war Maske Regen? Nein, warte. Hat er eigentlich Jurope als Starter-Pokémon gehabt? Ich glaube, er hatte Jurope. Knirscher. Knirscher gefällt mir doch schon mal sehr viel besser als Biss. Macht nämlich mehr Schaden. Ansonsten gefällt mir Biss, ehrlich gesagt, besser, weil Biss zurückschrecken kann. Aber... Kyrscher macht Schaden. Mo Terpel. Mo Terpel war das. Ich denke, da werden wir mal ganz spontan uns dazu entschließen, auszuwechseln. Und zwar wachsen wir zu Borra. Denn Borra ist noch eine Sache. Und Borra hat einen Gesteinsangriff und sollte generell auch von dem Käfer-Pokémon nicht allzu viel zu befürchten haben. Au. Äh, Felswurf. Felswurf geht daneben. Warum bist du so schnell? Borra, hör auf schnell zu sein. Du musst langsamer sein als den Gegner. Sonst bringt die ganze Zoom-Linse nichts. Irgendwann sollte es doch langsamer werden, oder? Es ist ein Heatran. Wie schnell kann das sein? Und wir haben... Oh... Ähm... Versuchen wir erstmal Biss zurzeit, falls es eine Citro-Bere hat. Okay, hat's nicht. Ähm... Was machen wir am besten gegen Metacross? Das Problem ist, dass Krokodok schon sehr geschwächt ist. Ähm... Ja, schicken wir jetzt Sitzbank rein. Stahlangriffe sind nur neutral gegen Sitzbank. Sollte zu schaffen sein. Ich wusste nicht, dass Krokodok auch so viel Wert auf stramme Mechse legt wie ich. Das war mir absolut neu. Okay. Auch hier wieder die gute Sache. Metacross kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht die gefährlichsten Angriffe. Das ist ja leichter als unser Leben. Wir machen aber trotzdem mal... Oh, nein. Okay. Alles gut, alles gut. Okay. Ich sollte nicht unterschätzen, dass Sitzbank zusätzlich auch noch eine gute Verteidigung hat. Neben der Spezialverteidigung. An der Patroni hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Das heißt aber, dass unser stremmer Max demnächst den Patronen-Hieb lernt. Ich freue mich für dich, stremmer Max. Den hast du dir verdient. Yeah. Verwirrung. Hydro-Pumpe. Hydro-Pumpe nach wie vor ein Angriff, der essentiell niederleben geht. Und Hydro-Pumpe macht akzeptabel Schaden. Mein Gott. Ich freue mich schon, wenn Sitzbank Surfer lernt, ehrlich gesagt. Da ist der Patronen-Hieb. Tut ein bisschen weh, aber ich denke wir werden... Ich habe nicht gesagt, dass... Ich habe nur gesagt, es geht essentiell nie daneben. Das heißt aber trotzdem, dass es daneben gehen kann. Okay. Damit wir da direkt mal kein Missverständnis haben. Und ich würde sagen, das dürfte Metakos gewesen sein und damit auch Jochen. Okay. Level 25 für Rosapfel. Rosapfel dürfte auch bald bereit sein, mitzukämpfen. Was? Du willst mir weiß machen, dass ich verloren habe? Ja, doch. Ja, ja. Na, vielleicht seid ihr ja ein bisschen stärker geworden. Das hat sogar mich erschreckt. Sonst hätte ich mich natürlich gewonnen. Willst du mal was Tolles wissen? Ich bin jetzt Lehrling bei Herrn Marinos. Bald wird mich die ganze Welt kennen. Bald wird ihn die ganze Welt kennen. Ich würde sagen, wir klappen noch die restlichen NPCs ab und sind dann fertig für heute. Und beim nächsten Mal nehmen wir die Arena an Angriff. Im Großmord setzen sie eine Eilbahn ein. Damit kommt man schnell von A nach B. So verhindert man auch, dass das empfindliche Ökosystem gestört wird. Hm. Ich müsste jetzt sagen, öffentliche Verkehrsmittel sind so dein Ding. Das heißt zwar Eilbahn, aber richtig schnell ist sie auch wieder nicht. Das klingt nach öffentlichen Verkehrsmitteln. Man kommt hier aber schneller durch das Großmord als zu Fuß. Yeah, man ist schneller als zu Fuß. Aber auch gar nicht mal so schnell. Tut mir leid, das fand ich nur gerade lustig. Gibt es ein Problem damit? Gibt es ein Problem damit? Ich hoffe, die Antwort ist nein. Eine Nanna-Bäre. Okay. Warum sieht der Nanna-Bärenstrauch immer so aus? Es kann aber auch sein, dass die Bären untereinander gerandomized sind. Aber ich glaube nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Und natürlich sollte ich auch nicht meinen... Nein, ich möchte jetzt einpflanzen. Mal ein Item mal da vergessen. Denn vielleicht liegt hier irgendwo was. Die Frau im Surfer kann ich einsetzen, wenn ich den Arenalter hier besiegt habe. Oh. Oh. Ich stehe hier im Mittenmang exakt in der mittleren Mitte des Orts. Das ist die mittlere Mitte des Orts? So, dass es die Mitte ist. Das ist überhaupt nicht die Mitte. Ich glaube dem Typen kein Wort, dass es die Mitte von dem Ort sein soll. Ich wandere durch ganz Sinno. Ich liebe es, überall Bären zu pflanzen. Ich werde dir auch eine Bäre geben. Bitte pflanze sie irgendwo ein. Eine Pyabäre. Pyababäre. Meine Schwester sammelt täglich Bären. Bitte besuche uns bald wieder. Wir kochen auch Bären. Wir mischen sie. Sie sind lecker. Ja. Ich denke, ich habe nichts gegen eine gute alte Erdbeere einzuwenden. Fertbein, ich habe mir vor Ewigkeit eine Tüte gefrorene Erdbeeren gekauft. Ich sollte mal ein Müsli machen. Ich studiere die seltenen Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Ach so. Ja. Das ist auf jeden Fall. Du verrät es auf jeden Fall nicht zu viel. Das Großmoor sorgte auch an heißen Sommertagen für eine kühle Prise. Die ist der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Ja, wahrscheinlich. War schon mal auf dem Pokémon-Landgut auf Route 212. Der Besitzer, Herr Reichedel, liebt es von seinen seltenen Pokémon zu schwärmen. Ja, da konnten wir, glaube ich, leider nicht hin. Das war, glaube ich, da, wo die Kameramänner am Weg standen. Hast du denn schon ein Männchen sich so ein weibliches Exemplar von Vatribi gefunden? Tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum ich die Endung von diesem beiden Wort gerade verschluckt habe. Ich würde die beiden nämlich gerne mal zusammen sehen. Wenn du mir beide zeigen kannst, gebe ich dir ein Machoband. Ich habe schon ein Machoband. Weißt du, was am Pokémon Vatribi am faszinierendsten ist? Nur weibliche Vatribi entwickeln sich und werden stark. Die Männlichen nicht. Wenn ich darüber nachdenke. Meine Frau ist auch stärker als ich. Und sie hat sich von meiner Gattin zur Mutter unserer Kinder entwickelt. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, das ist ja ein Ding. Ähm. Ich mag den Gedanken daran, dass dieser alte Mann dermaßen, dass es einfach sein Ding ist, dass er denkt, oh ja, und das ist mir gar nicht aufgefallen, dass meine Frau von meiner Gattin zu der Mutter unserer Kinder wurde. Ich denke, es ist etwas herzerwärmendes Naives an sich. Ja, Sebastian, wir lassen das so gelten. Und ich denke, damit haben wir alle mehr Spaß, als wenn wir sagen, was für ein Idiot. Sollten einfach mal uns über die Kleinigkeit mehr freuen. Wir freuen uns über die Kleinigkeit, dass wir morgen die Arena machen werden. Das ist eine Kleinigkeit, über die ich mich freue. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Hallo! Und willkommen zurück zu Pokémon Platin in der Randomizer-Nuzzlock-Challenge. Ihr werdet euch sagen, was ist so random daran? Was sage ich euch? Das ist ja mal so random. Ihr würdet mir nicht glauben. Äh, ich habe nicht nachgeschaut, auf welchen Level die Arena-Kämpfer hier sein werden. Bis dann, dass Joch ein paar Level über mir war, würde ich sagen. Ähm. Uns steht ein Abenteuer bevor. Denn potenziell sind wir unterlevelt. Ist das nicht bezaubernd? Das ist fantastisch, würde ich fast sagen. Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestehlt. Auch mein Pokémon und mein Geist wurden stärker. Ja, ich wünsche, ich könnte meinen Geist stehlen. Aber das ist mehr weich, matschig, unzuverlässig. Und da ist Maschock. Level 32. Ja, das ist, ähm, schwierig. Könnte schwierig werden, aber... So was? Das ist der Herausforderung, nach der ich mich sehne. Es ist länger her, seit wir noch einen interessanten Kampf hatten. Ich bin also absolut bereit dafür. Solange ich nicht einen Pokémon verlieren werde, dass es mir im Herzen liegt. Denn dann, dann werde ich untrüstig sein. Aber ansonsten bin ich bereit dafür. Ich sollte irgendwann mal nachschauen, wann Heatran irgendwelche Angriffe lernt. Denn eventuell könnte Heatran tatsächlich relativ belanglos für uns sein. Lazy Joey. Warum heißen alle immer Lazy? Ich kann mir nicht einfach ein bisschen mehr Mühe geben, damit ihr nicht ganz so faul seid. Warte, was bringt mir das? Oh, dann kann ich auf den Schalter hier unten, oder? Kann ich auf den Schalter hier unten? Oder wenn ich den mache, dann bin ich das Wasser abgelassen. Oh, ich kann da unten langlaufen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Wie versage ich denn den Rätseln aus diesem Spiel für Säuglinge? Ah, du spielst gar nicht für Säuglinge. Ich hab's gespielt, da war ich sieben. Okay. Das beweist das Gegenteil. Glückwunsch. Ich nicht. Als ich sieben war, kann ich das Spiel nicht draußen. Das wiederum bestätigt meinen Punkt. Ah, wir wollen hier vorne entlang gehen. Hier vorn? Yeah, hier vorn. Okay, hallo. Ich verfüge über die gewaltigen Kräfte. Das war's, das bildet ihr nicht ein, dass du gewinnen kannst. Die gute Sache ist, dass wir hier jede Menge Trainer vor uns haben. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch ein paar Level auf Split nehmen, bis es dann zum Arena Leiter geht. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Parasek. Parasek hat keine Psycho-Schwäche. Aber ich denke, Metallklaue sollte... Ah, Spornwirt, nicht die Metallklaue. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das wird nervig. Und da ist er schon. Das hat nicht lange gedauert, bis der Spornwirt sich bemerkbar gemacht hat. Ich würde fast sagen, das ging erschreckend schnell. Im gleichen Moment, als mir aufgefallen ist, dass Spornwirt eine Sache ist, hat er mich bereits erwischt. Warum muss ich paralysiert sein? Hätte ich nicht einfach dadurch auch einschlafen können? Die Analyse ist immer so viel nerviger. Konklusion. Und ja, das waren die Zeiten, als Blutsauger schwach war. Also, vielleicht hat das mein Leben ungemein. Komm schon. Bleib verwirrt. Schlitzer. Das ist okay. Macht immer noch keinen Schaden. Und? Strammer Max paralysiert. Nein! Strammer Max! Zeig ihnen, warum man dich so nennt. Zeig ihnen, dass man dich nicht so nennt, weil deine Angriffe nicht stramm sind. Okay, komm schon. Parasek ist nicht mehr mehr verwirrt. Und du willst mir sagen, du hinkst an der Paralyse? Komm schon. Komm schon. So. Schon wieder verwirrt. Was ist das überhaupt gerade? Und? Es ist natürlich kein Schaden. Setz auf Wachstum ein, was eine gute Entscheidung ist. Da ist absolut keinen Spezialangriff einsetzen. Und wir haben es besiegt. Huh! Alles hat ein bisschen gedauert. Alles hat nicht wirklich lange gedauert, aber länger als ich mir wünschen würde. Das können sie trotzdem. Ich bin ganz und gar verblüfft. Ja, ich auch. Das war ein sehr verblüffender Sieg. Ich würde sagen, ich werde Stramamax noch mal schnell aufheilen. Ich werde nicht mit ihm gern noch ein, zwei Gegner bekämpfen. Bevor wir dann unser Pokémon, das an der ersten Stelle ist, wechseln. Denn Stramamax, er sollte Patronenhip in nächster Zeit lernen. Das würde unser Leben erleichtern. Und darauf will ich gerade hinarbeiten. So warte, wo kann ich jetzt am besten klang? Ich kann da rüber gehen. Hallo Matrose. Ich bin um die ganze Welt gereist und habe überall Pokémon trainiert. Und in dieser Arena habe ich mich letztendlich niedergelassen. Du kannst darauf wetten, dass diese eine schwere Arena ist. Kann ich darauf wetten? Ich denke, wir sollten auf jeden Fall in der Arena dasselbe erreichen, wo die Pokémon ausgemaxt sein werden. Das ist ein bisschen beängstigend. Oh, Arbok. Das ist ein perfekter Gegner für den strammen Max. Die Neutralität macht deinen Bedroher wirkungslos. Au, das ist kein Knirscher. Au. Wird wirklich mehr Schaden, als ich mir wünschen würde. Ich meine, ein strammer Max hat ne hohe Verteidigung. Dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wenn wir eine Milchfritz sind 17 Punkte Schaden dadurch. Ehrlich gesagt relativ viel. Horter fand ich immer seltsam als Konzept von einem Angriff. Man erhöht Verteidigung und Spezialverteidigung. Man kann dann öfter horten und dann kann man irgendwie noch einen Angriff einsetzen, wenn man ein paar Mal gehortet hat. Und das ist ein komisches Konzept. Warum kannst du nicht einfach nur die Verteidigung erhöhen? Und dann verliert man die Sets, die man erhöht hat natürlich auch, wenn man den Angriff macht. Und ein Cognodon. Okay, das ist die erste Form. Wie ist die andere Form? Ich wollte ganz sagen, die andere Form war Rameidon. Meins war Rameidon. Ich habe in meinem Kopf gerade Rameidon mit Romod verwechselt. Kennt ihr das? Mit Romod verwechselt? Ah, verrückt. Das ist ne Sache, die mir übrigens nie passieren würde. Das heißt, versucht gar nicht erst der Szenario zu erfinden, in dem das passiert ist. Denn das wäre einfach nur gelogen. Ich möchte so stark werden, wie Wellenbrecher Marinos. Nein, wenn nicht. Ich habe schon mal versucht, ne Welle zu brechen. Ging nicht gut aus. Ein O-Mode. O-Mode ist natürlich auch sagenhaft machtlos gegen den Strammen wachsen. Und ist gerade noch auf Level 27. Warum ist das jetzt so niedrig? Die anderen Pokémon waren alle viel höher. Und sie können scheinbar alle Blutsäufe aus irgendwelchen Gründen auf Level 27. Ich könnte mich darüber beschweren, aber das ist ja eigentlich doch mein Leben ungemein. Also würde ich mich nicht beschweren. Und der Stramme Max hat seinen Angriff erhöht und einen Volltreffer gelandet und O-Mode besiegt. Der Stramme Max schafft einfach alles auf einmal. Und ein Kabuto. Ich denke, das wird ebenfalls ziemlich leicht sich von einer Metallklaue erledigen lassen. Dann wiederum ist die Metallklaue nur neutral. Aber wir haben den Angriff gerade erhöht. Also werden wir einen einsetzen. Oh. Oh, warum hat Kabuto überlebt? Ja, das ist sowas wie diesen... Wie heißt diese eine... Wie ist diese eine Fähigkeit, mit der ein KP übrig bleibt? Nicht Ausdauer. Ich meine, ich mache nicht Ausdauer. Wobei ich glaube, das war... War es Robustheit oder sowas? Ich glaube, die war jetzt ab Generation 5 oder 6 so nervig. So sprich war sie gar nicht so anstrengend. Kann doch auch sein, dass es ab Generation 4 war. In der ersten Generation, wo die Fähigkeit war, war sie nicht nervig. Aber die Zeiten haben sich dann geändert. Und leiden Luminion. Ich habe Luminion. Ich habe es seitdem... Habe ich ziemlich gute Arbeit darin geleistet, das zu ignorieren. Bis zum heutigen Tage. Aber das Problem ist, dass ich auch zwei andere Wasser-Pokémon in meinem Team habe. Das heißt, es ist nicht so unbedingt direkt gegen dich, Luminion. Es ist nur... Warum sollte ich dich trainieren und dich... Jedes andere Pokémon, das nicht vom Typ Wasser ist? Und diese Aquawelle macht mehr Schaden, als ich mir wünschen würde. Ich denke, es hat Zeit für den stremmen Max rauszugehen. Äh, wen stehe ich mir rein stattdessen? Äh... Krokodok. Krokodok, hast du nicht den neuen Knirscher gelernt, den wir beim Einsatz sehen können? Wäre das nicht was? Aquawelle. Problem ist, ich habe das Gefühl, dadurch, dass, ähm... Strammer Max bisher... Ach, komisch. Durch, dass Strammer Max bisher noch keine Angriffe gelernt hat, ist er aktuell noch etwas... Ähm... Was sind das? Ist ja... Ist ja aktuell noch etwas, äh... Ungünstig. Was sein Damage Output angeht. Aber ich denke, spätestens dann, wenn wir irgendwann Psychokinese bekommen, wird sich das mehr als nur erledigen. Das Problem ist, dass Psychokinese kommt, glaube ich, erst über Level 40. Man könnte also sagen, dass es in der Situation einige Probleme gibt. Aber ey, wir haben Luminium besiegt. Puh. Krokodok leistet übrigens auch konstant durch diesen Run hinweg gute Arbeit, so auch jetzt noch, um das mal eben in den Raum zu werfen. Es hat zwar nicht mal einen wirklichen Step-Angriff wie jemals gelernt, der der Rede wert ist, aber Krokodok ist einfach... Krokodok ist einfach ein Macher. Krokodok lässt sich trotzdem nicht aufhalten. Nie aus der... Nie die gute Laune vermiesen. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt. Jetzt bin ich dran. Was? Wie, jetzt bist du dran? Warst du nicht schon dran, indem du weltweit die meisten Pokémon geangelt hast? Oder reicht das nicht als Achievement für dein Leben? Und du hast das Gefühl, yeah, wenn ich jetzt noch den 10-Jährigen besiegen könnte, vielleicht ist man auf 12 in dem Spiel. Das wäre, das wäre, äh... Der... Der grünende... Das grünende Iltüpfelchen meiner Karriere. Und das war P, würde ich einfach mal behaupten. Man setzt auf Level 30 ein Baby-Pokémon ein. Und ein Kokowai. Äh... Kokowai könnte an sich problematisch sein, aber es hat nicht wirklich Pflanzen, die auf die der Rede wert sind. Aber ich glaube, der Knirscher sollte es killen können. Ich lag falsch. Äh... Äh... Aber ist kein Kokowai. Ist kein diesen komischen Eierbombenangriff. Kannste nicht sogar Eierbombe als Angriff? Sag gleich für ein Typ normal oder so. Hier, da ist Eierbombe. Eierbombe ist stark, aber es ist kein Pflanzenangriff und das ist gut. Da ist noch eine Eierbombe. Komm schon. Kokodok! Fussion. Fussion, okay. Ähm... Lass wir sie jetzt mal den ganzen Rest erledigen. Das wurde doch knapp, weil sie wartet. Ich hätte es einfach aufwecken sollen. Mal versuche ich bei Aufweckern immer zu sparen. Und bei Paare heilern. Das ist eine Sache, die einfach nur super viel Zeit kostet. Weil wenn man eine Runde länger durch Schlafen verliert oder eine Runde länger durch Paralyse, schon an dem Punkt hätte es sich gelohnt, wenn man sich einfach davon geheilt hätte. Es ist eine dumme Eigenschaft von mir, aber das ist Leben, wenn man irgendwelche RPGs spielt. Man kann sich einfach irgendwelche Items einsetzen. Du musst sie sparen. Für den einen Kampf, wo sie vielleicht hilfreich werden können. Was natürlich bedeutet, dass man sie in keinem Kampf einsetzt, wo sie hilfreich werden könnten. Außer es ist ein Bosskampf, aber das ist nicht der Punkt. Klippunkel. Hat das nicht irgendwas gehabt, womit das Wasserangriffe besser wegsteckt oder so? Naja, scheinbar nicht. Okay. Alles gut. Dankeschön, Sitzbank, dass du uns aus der Situation gerettet hast. Das hätte unangenehm werden können. Weltweit Nummer 1 zu sein bedeutet anscheinend gar nichts. Ja, das stimmt. Haben wir mal eben eine Kumo-Milch, die ich an Krokodok weiterleiten könnte. Und dann möchte Krokodok auch bitte aufgeweckt werden, denn er schläft. Und wir sind hier gerade in der Arena, Krokodok. Wache auf. Wir brauchen dich. Äh, will ich da drauf trampeln oder da? Ja, das war ein Fehler. Wo ist der Schalte überhaupt da? So, jetzt kann ich hier noch weiter runter gehen. Das ist eine... Ich weiß nicht, ob ich die komplexe Arena, aber... Wahrscheinlich die längste Arena, was ja die ganzen Rätsel angeht. Wie die Tosne sehe, spüle ich alles in meinem Wegstehende hinfort. So bin ich eben drauf. Kleine Marotte von mir. Ja, das kenne ich. Ich spüle auch immer alles in meinem Wegstehende fort. Kleine schlechte Einstellung. Äh, Eiszahn. Damit sollten wir das kleine, kuschelige Wablu schlafen gelegt haben. In seiner eigenen... Ich wollte gerade sagen Baumwolle, aber... Ja, was sagt man, dass das einfach nur Wabluwolle sein wird und keine Baumwolle? Schneckmark! Einmal nicht. Letztens erst vor ein paar Trainern gegen Schneckmark gekämpft. Aquaknarre! Ist Schneckmark eigentlich vom Typ Boden oder ist nur Feuer? Ich glaube, Schneckmark sollte nur Feuer sein. Denn Feuer und Boden waren, äh, Kamaub und, ähm, Kamerubt. Aber, warum bringe ich das durcheinander? Ganz einfach, weil man Kamaub und Schneckmark... In der gleichen... Weiß mal nicht, Magmaub. Keine Ahnung, wie der eine... Sein Gebiet heißt, in, äh, Generation 3 fangen kann. Das kommt nicht von irgendwo her. Ich hab ne Begründung dafür. Oh, Schillock! Schau ich den Surfer an! Das ist so ein cooler Schillock-Sprite. Ich glaube, das könnte mein Liebster Schillock-Sprite sein, ehrlich gesagt. Sieht super cool aus. Ist einfach bereit, loszusurfen. Damit mach ich nicht mal zwangsweise den Angriff. Sondern einfach nur, weil es wirklich im traditionellen Sinne ein Surfer ist. Und Knirscher. Danke für deine Aufmerksamkeit, Schillock. Und jetzt surf in den Himmel. Und Level 28 für Rosapfel. Diese Welle hätte mir nicht mal das Geschirr spülen können. Ja. Kannst du darin auch einen Fisch, äh, zubereiten in dieser Welle? Das ist die wahre Frage. Ah, ich würde sagen, bevor wir gegen Marinus kämpfen, werde ich mal eben feige wie ich bin, kurz rausgehen und meine Pokémon heilen. Denn ich fühle mich aktuell nicht in der Lage, dazugegeben zu kämpfen. Und die Frage ist natürlich, wie wird der Wasserstand sein, wenn ich in die Arena zurückgehe? Ich würde überhaupt, er wird wieder komplett am Anfang sein. Was bedeutet, dass ich einmal quer durch die Arena laufen muss und überall das Wasser hoch und runter stelle. Und das finde ich einfach, das finde ich gerade so Spaß. Hier hätte ich so viel Lust drauf. Deswegen freue ich mich sehr, dass das Spiel das wahrscheinlich so handhaben wird. Zwei, was? Wenn wir schon mal da sind, werde ich mal eben den Browser meiner Wahl öffnen und dann werde ich kurz nach Heatran schauen. Denn ich möchte gerne wissen, man ist dann unter Umständen vorhat, den Angriff zu lernen. Äh, Generation 4. Attacken durch Levelaufstieg. Es sind auf Level 33 Knirscher und auf Level 49 Flammensturm. Es hätte ansonsten Feuerzahn auf Level 17 gelernt. Ähm. Ja, das ist nicht gut. Ich fürchte, wir müssen Borah dann demnächst kurz aus dem Team, ähm... Wir müssen Borah in der Pause genehmigen. Wir können es auf jeden Fall später wiederholen. Wenn wir irgendwann im Laufe des Runs Richtung Level 50 gehen, aber... Oder wenn wir irgendwelche TMs finden, die es ermöglichen. Aber ansonsten... Ah, das ist keine gute Aussicht. Es tut mir leid, Borah, ich wollte zu viel. Ich dachte, wir würden mich weiterentwickeln. Ich meine, es wurde zu einer Legende. Wisst ihr was? Nein. Wisst ihr, warum wir die ganze Partnerschaft, die Trainer-Pokémon-Partnerschaft, kurz auf Eis legen müssen? Sieht einfach an der Überheblichkeit, die Borah den Tag legt, seit es zu dem Legende an Pokémon Erschaffer aller Vulkane wurde. Das kann ich nicht gut heißen. Aber ja, es ist, ähm... Ich bin nicht begeistert davon. Muss ich ehrlich gestehen. Aber okay. Ah, das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr Platz für andere Pokémon. Hey. Wir haben halt echt ansonsten nicht wirklich eine Möglichkeit, mit Heatran was zu machen. Vor allem der Angriff, den es lernt, wenn es Knirscher lernt, ist halt auch... Knirscher ist halt auch nicht so hilfreich für Heatran. Vor allem ist ein physischer Angriff nicht so gut. Das ist auch kein Step-Angriff. Und das ist halt... Wir können halt keine der Stärke von Borah ausspielen. Ich würde sagen, wir werden als nächstes dann versuchen, Trash immer weiterzutragen. Ansonsten... Strömmer Max. Los geht's. Es ist Zeit für die Arena. Willkommen! Ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arena-Leiters von Weideburg. Ganz genau. Ich bin Weltbrecher Marinos. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört dann an uns. Los, bringen wir es hinter uns. Okay. Bringen wir es hinter uns, Marinos. Ich weiß nicht, auf welchen Levels er im Pokémon sind für das Protokoll. Lombrero. Okay, das ist noch nicht... Ja, das ist noch nicht an der Twitter-aufgelevelt-Range. Lombrero versuche, mit einer Konfusion klein zu kriegen. Wie wäre es damit? Ich meine, kein überragender Schaden, aber ich denke, Lombrero sollte gegen Strammer Max auch nicht so viel ausrichten. Und das war eine gänzliche Fehleinschätzung der Situation. Wir machen trotzdem mal weiter. Vielleicht können wir eine Erheilung triggern. Das wäre ganz cool. Wir müssen noch nicht ganz aufheilen. Sollte ich so weit gehen? Mit Strammer Max zum Risiko eingehen? Ich sollte nicht, aber... Okay, wer wird reingewechselt? Naja, jetzt dafür wird reingewechselt als ein Pflanzen-Wasser-Pokémon. Die haben beide eine Pflanzenschwäche. Ich würde fast sagen, dass ich bei Strammer Max erstmal bleibe. Wir geben ihm eine Kupo-Milch, was die eine Heilung ist, die wir Strammer Max in diesem Kampf geben können. Dann sehen wir mal weiter. Wir bräuchten Flugangriff, aber... Da habe ich leider aktuell nichts zur Hand. Da ist der Hypertrank. Damit war zurecht. Denn ehrlich gesagt, würdest du mit der Konfusion vielleicht bitte eine Verwirrung hervorrufen? Das wäre echt cool. Flugstrahl. Warum könnte ich gerade schwimmen, dass die Verteidigung von L'Ombrero höher wurde? Das macht auf jeden Fall genau 30 Schaden mit dem Flugstrahl. Hm. Was ist das? Ist das nicht auch stärker geworden? Nein, jetzt waren es 25. Okay, jetzt hier wechseln raus. Ähm. Das würde ein Blupstrahl einsetzen, das würde uns etwas Zeit verschaffen. Und ansonsten... Ja, schickt mir Krokodok raus. Lassen Krokodok einen Knirscher machen. Ich denke, der Knirscher sollte reichen, um L'Ombrero zu killen. Im Idealfall ist Krokodok sogar schneller als L'Ombrero. Der gute alte Krokodok. Das ist ein richtiger, das ist ein Beißer, ein Schnapper. Ein Knirscher, könnte man fast sagen. Und das war L'Ombrero. Oh, Sapfel. Kannst du mal wieder Level ab? Das ist nicht gut. Ähm. Klischer. Schlicht und ergreifend. Okay, es macht Windstoß, das ist hervorragend. Eventuell kannst du Ikonen keine guten Anriffe. Es kann wahrscheinlich Aurora-Strahl und Blup-Strahl. Die sollten gegen... Oh, das ist gut, das ist so wenig Schaden. Sollte gegen Krokodok nicht als für bringen. Oh, weiß, nebel ist nicht gut. Das heißt, ich kann die Verteilung von so Ikonen nicht senken erst mal. Pass auf, was wir jetzt machen werden, wir machen Kampf-Items, wir machen x Angriff. Wenn wir die Verteilung nicht senken können, dann können wir den Angriff steigern. Regentanz. Okay, es hat Regentanz, Weißnebel und das war der andere Angriff. Oh ja, Windstoß. Aber was ist der vierte Angriff? Ich vermute Aurora-Strahl, und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, yeah, wir haben es wieder mal geschafft, denn dieses... Oh mein Gott! Denn dieses Zuikun wird sich absolut nicht so wehr setzen können. Es regnet weiter. Knirscher. Ja, ich glaube, dass von dem Zuikun geht keine Gefahr aus. Es ist aber ziemlich passend, dass Marinos den Zuikun einsetzt. Muss ich fairerweise sehr anmerken. Ich denke, es sollte nach dem nächsten Knirscher sterben. Übertrank. Das Problem ist, dass es ja Zwinge hat, werden uns auch langsam die AP ausgehen. Es regnet weiter. Ich meine, ja, wenigstens wird der Zuikun kein Problem für uns, aber es zieht sich einfach für Jahre. Oh, da ist der Volltreffer. Jetzt greift dich mal mehr an an dem Punkt. Ich glaube, es will einfach verlieren, weil sich ihm nicht verüben kann, denn wenn man es mit einem Trainer wie mir zu tun hat, dann sollte man besser wissen, wann man aufgibt. Und da ist nochmal ein Windstoß. Ja, das war zuerst etwas erschreckender, da muss ich sagen, im Endeffekt ziemlich einfaches Zuikun zu bekämpfen. Und was wird sein letztes Pokémon sein? Der wird dann 30. Und ein Nincada. Hey da, das war eine gute Attacke. Er ist auf jeden Fall ein gefährliches Pokémon. Gehen wir zur Sitzbank und machen Hydro-Pumpe, schätze ich. Die Karte macht wilden Laser. Ich meine, die Karte kann so oder so nichts machen an dem Punkt. Und ich würde fast sagen, wir haben den Kampf soweit gewonnen. Die Karte ist übrigens vom Typ Käfer und Boden. Deshalb dieser Angriff sehr effektiv ist. Ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht die Frage stellen werden. Der Karte sieht nicht aus wie ein Pokémon, das vom Typ Boden ist, aber es ist eins. Wow, 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 Schluss und aus. Wie sage ich es nur? Ich will mehr. Ich will noch mal kämpfen oder so. Strömung muss ich ganz nach unten, muss ich ganz nach unten gezogen haben, aber der Kampf, der, äh, mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, was hast du dir verdient? Der Fan-Orden von Marinos. Dank des Fan-Ordens kannst du nun auch die versteckte Maschine Surf-Aushalt eines Kampfes einsetzen. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team ganz außergewöhnlich ist. TM55. Was ist TM55? Die Attacke Metronom, sie führt doppelten Schaden zu, wenn er gegner weniger als die FDKP besitzt. Ja, Metronom als TM. Ich mag Gedanken daran, aber, nö. 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 Hallo, Jochen. Oh, hey. Äh, du hast den Orden schon? Was hab ich dir gesagt? Herr Marinos, also, ich meine, mein Meister, er ist echt drauf, oder? Er hat so dermaßen drauf. Oh, was soll der Tumult? Ach, ihr beide seid das. Hallo, Meister. Äh, hör mal, Junge, ich kenne deinen Vater, stimmt schon, aber, ich, 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 kann mich nicht erinnern, dich als Lehrling angenommen zu haben, und ich werde es auch nicht tun. Außer benötigt ihr beide mich nicht. Ihr sollt allein zu Stärken gelangen, ohne, äh, bei mir in die Lehre zu gehen. Joch, äh, es ist doch egal, du bist jetzt mein Meister, aber reden wir nicht weiter darüber, es gibt nämlich Ärger. So ein Typ von Team Galactic treibt sich an der Pokémon-Warte herum. Er hat was von einer Bombe gefaselt. Was? Niemand sabotiert Weideburg. Nicht so lange ich es verhindern kann. Ey, Meister, so warte doch. Hey, ich hab erst mal vor, ins Pokémon-Center zu gehen, ehrlich gesagt. Und dann, äh, können wir mit Rosapfel auch mal trainieren. Wir können auch mal einen Angriff lernen, der okay ist, Rosapfel, ehrlich gesagt. Hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Und dann sollte ich noch mein Team etwas, ähm, aktualisieren. Dann wiederum, wir können auch Pokémon fangen. So was? Wir werden jetzt mal schauen, was wir noch so fangen können. Und dann, schauen wir, wen wir ins Team nehmen. Denn wie gesagt, Borra, Borra, ich würde dich sogar noch weiter im Team behalten, aber zum aktuellen Zeitpunkt befürchte ich, dass es, äh, es ist keine Option. Es sind schlicht und ergreifend keine Angriffe in sich, die uns irgendwas bringen. Leider. So. Was können wir denn schön ins Angeln? Äh, wir verwenden natürlich die Profi-Angel. Denn ich bin ein professioneller Angler. Tja. Ihr wisst ja, wie es läuft. Dank der, wie auch immer man die Regeln nennt, müssen wir einen Pokémon, das wir bereits besitzen, nicht nochmal fangen. Natürlich werde ich jetzt vielleicht die Frage stellen, hey, aber was war beim letzten Mal, als du, ähm, einen Ambi-Diffel gefangen hast? Au, Finalschlag. Was war beim letzten Mal, als ich Ambi-Diffel gefangen habe? Ich habe doch einen Griffel. Yeah. Folgende Sache. Unser Griffel wird nicht zu einem Ambi-Diffel, beziehungsweise wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ich meine, können Pokémon zur richtigen Entwicklung werden? Wenn es komplett random ist, sollten sie es werden können. Aber, ähm, es ist extrem unwahrscheinlich, deswegen hat es in dem Fall nicht gezählt. Außerdem ist Ambi-Diffel ein cooles Pokémon. Ich glaube, ich will Ambi-Diffel auch ins Team nehmen, ehrlich gesagt. Komm schon. Jetzt muss man sowas anbeißen. Ambi-Diffel wird so stark, wenn es erst mal Doppelschlag lernt. Das Problem ist nur, dass es halt vom Typ normal ist. Wahrscheinlich sollte ich das deswegen nicht machen, so können wir nicht wirklich, äh, verschiedene Typen abdecken. Oh, ein Kamaub! Moment, jetzt bringen wir überhaupt nicht zu Kamerut. Ein Kamaub ist trotzdem cool. Komm mit mir mit, Kamaub. Vielleicht, wenn wir das weiterentwickeln. Vielleicht sollte ich einfach, äh, an die Angestellten in meinem Team irgendeinen Pokémon fangen, dass ich, äh, weiterentwickeln kann. Das ist ja, was hätten wir da schönes. Ähm, wir hätten auf jeden Fall noch den guten alten Zappelfill. Wie gesagt, bei Zappelfill ist, es wirkt sich auf, äh, Level 36 oder 30. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Norman, äh, Lethargien einsetzt, das auf Level 30. Das heißt, wenn, äh, Level 30 falsch ist, ich werde es gleich nachschlagen, dann entschuldige ich mich dafür, aber zu meiner Verteidigung. Das ist das eine, was man immer sieht auf Level 30. In seinem Rücken speichert es sehr heißes Markbar, regnet es, kühlt das Markbar ab und es wird langsamer. Äh, Kamaub macht natürlich, äh, gewisse Geräusche immer. Wenn man es, äh, wenn man so einen Ruf hört. Und es ist ein, äh, Schmackhoffatz. Das heißt, wir nennen es, ähm, Schmackhoff. 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 Der gute alte Schmackhoff. So, dann lass mich mal eben nachschauen, wie es mit Mund hier aussieht. Okay, es entwickelt sich auf Level 36. Das heißt, diese, ähm, Annahme wurde leider auf grausame Art und Weise bestätigt. Jochen, was machst du da? Hey, wir gehen jetzt mal ins Pokémon Center. Den könnte ich ins Team packen. Pokémon bewegen. Das ist ein wichtiger Anfang dafür. eine Fragia-Bäre. Kriegen wir denn irgendwas, das sich vielleicht weiterentwickelt? Hm. Die entwickeln sich alle relativ spät, oder? Warte mal, entwickelt sich Kamaup. Kamaup und Voltball. Habe ich bei Voltball nicht mal nachgeschaut, wann es sich entwickelt? Ah, Kamaup. Fangen wir damit an. Kamaup entwickelt sich auf Level 33. Üch. Früh würde ich das nicht unbedingt nennen. Voltball entwickelt sich auf Level 30. Hm. Ich würde fast sagen, dann werden wir erstmal keins von denen ins Team nehmen, weil... Nein, Blau bringt mir auch nichts. Wir haben ja schon... Wir haben ja schon Eis-Pokémon. Ich würde das Team dann denke ich erstmal so lassen. Wir schauen, dass wir Trashy weiterentwickelt bekommen irgendwann mal. Und ansonsten bleiben wir erstmal bei dem Pokémon und trainieren die viel so weiter. Ansonsten habe ich jetzt auch nicht wirklich die Ressourcen, noch ein anderes Pokémon hochzuleveln, muss ich fairerweise sagen. Wir sind mich generell schon ein gutes Stück unterlevelt. Ich meine, mein stärkstes Pokémon ist fünf Level unter dem stärksten von dem Arena-Leiter gewesen. Das ist nicht allzu gut. Jochen, was machst du? Warum sprichst du mich von dieser Seite an? Ist okay. Mein neues Outfit ist ein richtiger Knaller, oder? Die Bunk ist das Maß der Dinge. Was ist das? Hey! Hast keine Augen im Kopf? Ich bin auch noch hier. Was ist denn? Was ist denn dieser... Kawumm! Au, au. Was passiert hier? Puh, das war ganz schön laut! Duda, was zu aller Welt sollte das? Ach, was das sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktik-Bombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Und dann ging sie los und der Klang war dann etwa so... Kawumm! Ach, gut, dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzten wollten Informationen... Äh, sollten... Was? Wollten Informationen werden? Sonst hätte ich neulich gerne... Äh, sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage... Übrigens, sieht deine Maske völlig daneben aus. Oh. Oh, der Schmerz. Dem Großmord darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide, folgt mir bloß nicht. Und, äh, lass bloß jemand anderen herein. Falls da drin auch noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Hey, Wuppenbendel, ich folge diesem komischen Galaktiktyp. Ich bleibe hier, wie der Meister ist befall, damit andere nicht reingehen. Lass diesen Typen nur nicht entkommen. Okay. Wir lassen diesen Typen nicht entkommen. Hey. Was soll das denn? Renn mir nicht hinterher. Pass auf, dass ich mein Pokémon nicht auspacke. Aber du hast Glück, denn leider, leider habe ich wichtige Termine. Ich bin so schnell, wie bin ich zum See. Kommt mich auf Gedanken, mir zu folgen. Hast du das kapiert? Okay, nicht folgen. Verstanden. Denn dann werde ich mal mein Bestes geben, um dir nicht rüber zum See zu folgen. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ach, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Habt ihr Explosionsenergie gesammelt oder so? Ist das eine Sache? Kann ich ja auch eine Explosionsenergie sammeln. Das würde ich gerne. Ehrlich gesagt, da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe keine Ahnung, was genau er zuerst meinte. Ich habe so eine Vermutung, wo ich hingehen muss. Ich würde sagen, ungefähr da, wo die Reporter den Wald abgesperrt haben. Aber junge, junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt es eigentlich nichts, was wir nicht in die Luft jagen könnten, was sie wohl damit vorhaben. Ach, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Du bist anhänglicher als Kleister und ich habe es satt, immer von dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Oh, wir kennen uns doch, glaube ich zumindest. Ich halte sofort hierbei, als ich hörte, dass das Verdächtige etwas des Team Galaktik in Weideburg eingetroffen ist. Dieses Etwas war also eine Bombe. Eine Explosion gab es auch. Nun, ich habe gehört, dass da öfter ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großmoor, sagst du. Und du verfolgst einen Mann, der das, der, das ist ja total aufregend. Ein Mann mit einem Topfschnitt also. Hm, es gibt modernere Frisuren. Komische Kleiderdrucke auch. Das waren wohl wirklich Team Galaktik. Oh nein, nein. Lebel, Lebel, wie konntest du das nur übersehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah. Er war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein. So wird es nichts. Warte, warte, sag ich. Okay. Das ist also eine ernsthafte Situation, wenn sogar die Geheimpolizei eingestellte, äh, eingeschaltet wurde. Oh, du schon wieder. Und ja, ich bin ja jetzt in diesem Hotel hier. Ich stelle unangenehme Fragen. Um verdächtige Subjekte zu finden. Als Eliteagent der internationalen Polizei benötige ich deine Mithilfe. Such das Gelände ab. Ich habe die Theorie, dass die verdächtige Person entkommen ist. Ah ja. Okay, ich dachte, er sagt irgendwas wie, ey, wer ist eigentlich der Typ neben mir? Und glaubst, er könnte mich vielleicht in Ruhe lassen? Er wird sich vermutlich versteckt, aber was ist in meiner Vermutung, wo er sich... Oh, hallo. Kui, Japs. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem unser Apostel andauernd redet. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke, wenn wir dieses Ding einsetzen. Ach, du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Bist so nervtütend und hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Okay, dann machen wir das danach. Oh, nein. Bist du nur noch auf den Fersen? Der See ist in Sicht. Lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Oh, oh. Oh, oh. Ein kaumer Lard. Das könnte ein gefährliches Pokémon sein, muss man fairerweise anmerken. Das könnte Bodenangriffe und es könnte Drachenwut, aber ich denke, der stramme Max hat alles unter Kontrolle und eine gezielte Metallklaue wird diesen Job erledigen. Ja, das war absolut erbärmlich. Und das war die Metallklaue. Und so haben wir es geschafft. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich musste es dem Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es einem sehr einsetzen. Kannst du ihn bitte aufhören, laufen zu lassen? Er hat eine Bombe gelegt. Er hat eine Bombe in die Luft gesprengt. Können wir aufhören, Bombenleger einfach laufen zu lassen, bitte? Also ich weiß, dass bei Team Rocket und sowas wir sagen, wir können sich aufhalten, keine Ahnung. Aber der Typ hat eine Bombe gelegt und er hat sie in die Luft gesprengt. Können wir diesen Typen bitte ein einziges Mal nicht laufen lassen? Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt. Aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Insel soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hey, wo ist dieser Schurke von Team Galactic hingerannt? Wie? Sag bloß, du hast die ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast. Nein, sie ist nicht deine Schwester. Oh, ach so. Diese Explosion im Großmoor? Ach, das war nichts Ernstes. Herr Marinos hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. Aber dieses Team Galactic sind die aus Kontrolle geraten, oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen direkte eine Lektion erteilen, die sich so schnell nicht vergessen werden. Mach's gut. Sonst wäre es deine Schwester oder so, Jochen. Er ist ein Freund. Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als Energie geladen. Kann das sein? Also, um auf das Thema zurückzukommen. Hast du die Horde von Anton an Route 210 gesehen? Yeah. Ja, genau. Hinter dem Café der Route 210. Du hast die Gruppe Anton gesehen, die sich ihre Köpfe halten. Wie dem auch sei, gib dem Anton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex. Wer wird sich das für dich lohnen? Der Geheimtrank. Uh. Als ich jünger war, bin ich auch mit dem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusions-Pokémon zu entdecken. Ich muss los. Bis bald mal. Was ist mit dem Bombenleger? So, den ignorieren wir an der Stelle einfach. Schutz wirkt übrigens auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir uns zu den Anton begeben und sehen, was es dort alles zu sehen gibt. Das werden wir sehen. Und inzwischen haben wir fünf von acht Orden. Wir kommen langsam, aber sicher voran, würde ich sagen. Aber ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Gleich wird es fertig gespeichert haben. Pass auf. Jede Sekunde. Es speichert einfach so langsam. Es ist unglaublich. Ich kann gar nicht sprechen. Willkommen zurück zu Pokémon Platin in der Randomizer Nazok Challenge. Heute machen wir uns auf den Weg zu den Antons und glücklicherweise habe ich kein Pokémon gerade bei mir, das Fliegen lernen kann, weil das Schicksal es nicht gut mit mir gemeint hat und mir keinen Fluchpopul überlassen hat, dass zum einen halbwegs okay ist und zum anderen noch lebt. Äh, ja. Dementsprechend, ähm, ich marschiere dann mal rüber. Nein, wisst ihr was? Wir gehen direkt zum Pokémon Center, denn, ähm, die gute Bora ist leider zum aktuellen Zeitpunkt, wie ich oftmals angemerkt habe, nicht in der Lage, uns wirklich weiterzuhelfen. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich schauen, dass wir Bora vorübergehend aus dem Team kicken. Ich weiß nicht ganz, wie hoch wir leveltechnisch kommen werden, aber wenn wir Level 50 erstmal erreichen, ich glaube, dann kann ich mit Bora was anfangen. Das Problem daran ist auch, dass wir dafür Level 50 erreichen müssen und das ist, äh, relativ hoch. Aber wir werden sehen. So. Hm. Bora, Bora, Bora. Kann ich bitte die Zoom-Linse haben? Und die Ballkapsel. Wie, wie mache ich das mit der Ballkapsel? Ich glaube, dafür muss ich erst auf den anderen PC hoch und vergleichen? Items bewegen? Nein. Wie, 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 wie ging das? PC von MOP Männlich, Ballkapsel. Warum ist das überhaupt so dumm geregelt? Entfernen. Okay. Gut. So weit, so gut. Das ist etwas nervig, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, deswegen habe ich die auch damals gar nicht mal so oft verwendet. Weil man einfach so, man muss einfach, äh, zwei Menüs dann anstellen, um Pokémon ablegen zu können auf die Box. Das ist einfach nur dumm. So, wen wollen wir denn mitnehmen? Hm. 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 Ähm. Das Problem ist, wir haben, hm. Haben wir jemanden, der wirklich hilft? Ich glaube, wir nehmen mal Hans mit. Der gute Hans. Zu manchen Zeitpunkt kann ich wirklich irgendwas machen, aber wir werden ihn im Hinterkopf behalten. Beziehungsweise, ich meine, er hat auch ein gutes Wesen und sowas. Ich mag einfach, ich liebe einfach die Fähigkeit von, oh, liebt Kämpfe, yes. Ich liebe einfach die Fähigkeit Techniker. Das ist einfach so eine spaßige Fertigkeit, deswegen will ich Hans auf jeden Fall eine Chance geben, ehrlich gesagt. Aber, bevor es weit ist, werden wir erstmal versuchen, Rosapfen auf Level 30 zu bekommen und dann, ähm, sollte Trashy irgendwann demnächst wahrscheinlich auch Level 34 anstreben, damit es sich endlich mal weiterentwickelt, denn ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich denke, Trashy wird noch ein im Kampf wichtiges Mitglied für unser Team. Ist natürlich auch jetzt schon ein sehr wichtiges Mitglied im Team, aber nicht unbedingt was Kämpfe angeht, wie euch wahrscheinlich ja aufgefallen ist. Aber dann werden wir noch was ändern. Ich glaube, die Adhards waren hier direkt um die Ecke oder so. Habe ich den Schneider bei mir? Nein, habe ich nicht. Cool. Also, ihr Entons, habt ihr Kopfschmerzen? Möchtest du den Geheimtruck verwenden? Ja. Amofimandy verwende den Geheimtruck. Die Entons sind von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Ich glaube nicht, dass chronische Schmerzen so funktionieren. Okay. Somit haben wir chronischen Schmerz geheilt. Wir wissen, wir wissen einfach, wie man mit Pokémon umgeht am besten. Ja, es sind hier, das habe ich... Oh Gott, du hast den Geheimtruck verwendet, das habe ich gerade getan. Enton, leider einen chronischen Kopfschmerz. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meine Großmutter in Elysis, diesen Talisman. Er soll selten Pokémon zwischen hier und Elysis geben, also wird es die Reise wohl wert sein. Okay. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die Älteste von Elysis und die Stadt selbst. Schau auf deine Karte, gar nicht zu verfehlen. Ich zähle auf dich, bis später dann. Bis später. Warum ist Sinti überhaupt ein NPC, der einem die ganze Zeit begegnet in diesem Spiel? Bisschen seltsam. Und ich glaube, ich sollte mal kurz noch mal nachchecken, ob ich auf einer neuen Route bin. Ich glaube, ich war hier schon, aber wer weiß. Rote 210. Ja, 210 haben wir definitiv was gefangen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass ich mein Glück herausfordern will, deswegen. Ja doch, das ist auch Rote 210. Okay. Das war hier, als wir dabei gescheitert sind, ein Tun-Hill zu fangen. Ah, das waren noch Zeiten. Erinnert mich noch daran, als wir das Tun-Hill nicht gefangen haben. Das war so cool. Dafür haben wir mit einem strammen Max bekommen. Und das ist der strammste aller Maxe. Level 19 Pfiff hier. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein angemessener Gegner für Rosapfel. Ein angemessener erster Gegner. Das Sprite ist ziemlich cool. Zauberblatt. Ich wünsche, würdest du einen Pflanzenangriff lernen, der ein bisschen der Schaden macht als Zauberblatt, aber ich glaube, gemessen an dem Spezialangriff, sollte Zauberblatt erstmal auch wirklich okay sein. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Rosapfel sollte auf jeden Fall prinzipiell Potenzial haben. Eine Hirntafel. Zwei sind Materie, drei sind Geist und bilden gemeinsam die Welt. Okay. Dann verstehe ich ja, worum es geht. Hallo, ich habe dich schon gesehen. Ich hoffe, zum Ninja-Trio entdeckt zu werden, zwingt mich zum Kampf. Aber wie hast du mich entdeckt? Bist du auch ein Ninja? Zum Trio. Sind die alle hier in der Gegend oder sind die irgendwo anders? Hm. Ein Donfarn. Auf Level 33. Das ist ein bisschen erschreckend, aber gleichzeitig. Ich mache mir keine Sorgen. Mega Sauger. Ich meine, es würde nicht direkt die Erdbeben einsetzen. Richtig? Richtig. Es würde nicht einfach die Erdbeben machen. Sie hat erst dann schon die Hälfte einen Schaden gemacht. Donfarn macht Furien-Schlag. Ja, Donfarns Wuppset sollte auch in Generation 4 immer noch ziemlich überschaubar sein. Uh, dreimal getroffen macht eine Menge Schaden. Mega Sauger! Und wenn der reicht, um Donfarn zu besiegen, dann haben wir bereits, ich würde fast sagen, wir haben dann diesen Kampf gewonnen. Ehrlich gesagt. Und, ja, es reicht. Da haben wir ordentlich Energie abgeschlürft. Ich glaube, ich sollte auch mal schauen, wenn ich vielleicht irgendein angemessenes Item für Rosapfel finde. Ich meine, ich sollte auch irgendwas haben, was Rosapfel einfach noch so ein bisschen verstärkt. Fisher Jasmine, eine Ehre für dir, besiegt zu werden. Eine Ehre, dich besiegen zu dürfen. Kleiner Naruto. Ähm, Flanke, glaube ich. Oh, nütz. Oh, nütz. Oh. Aber das könnte hilfreich sein. Hm. Hochball. Ich weiß ja nicht. Fokusband? Näh. Fokusband ist sowieso schon zu unangenehm. Larmrauch. Mach den Träger langsam und benommen. Gestärkter Takt vom Typ Pflanze. Rosenrauch. Übe es damit. Das ist doch ganz nett. Ich weiß nicht genau, wie viel das bringt. Vielleicht soll ich das irgendwann mal nachschauen. Ich weiß, ich schaue das jetzt nach. Das ist mir gerade aufgefallen. Beziehungsweise als ich darüber nachgedacht habe, welches Item ich eventuell pro Saffel geben könnte, dachte ich mir, ja, was? Was wäre mit Rosenrauch? Oder nicht Rosenrauch? Irgendwas, was Pflanzenangriff versteht. Ich wusste nicht genau, dass es das ist, aber... Im Poké-Wiki steht nicht um wie viel es die Pflanzenangriff... Um 20%! Das versteckt Pflanzenangriff um 20%! Was? 20%! Ich weiß nicht, ob ich das schon angemerkt habe, aber das ist eine solide Menge. Das ist einfach so viel mehr Damage. Was? Ich dachte, die Items würden 5% mehr bringen oder sowas. Moment, was werde ich jetzt was anderes nachschauen? Oh Gott, was gibt es sonst noch in der Richtung? Pudersand. Nein, wisst ihr was? Schauen wir nach der Hirntafel, okay? Wie viel Prozent würde das geben? Auch 20? Die bringen 20% mehr Schaden? Ich dachte immer, es wären 5% oder irgendwas anderes Belangloses. 20! Das ist einfach so viel. Da ist noch einer. Ich gehöre zum Ninja-Trio, entdeckt zu werden, zwingt mich zum Kampf. Ja, das habe ich schon gehört. 20% mehr Schaden! Hab ich das schon angemerkt? Das ist einfach so viel. Äh, Knospi sollte nur vom Typ Pflanze sein. Das heißt, ein kleiner Giftstachel, der natürlich nicht von den 20% betroffen ist. Äh, er sollte nicht so viel Schaden machen. Da ist auch Giftstachel. Scheint vom Typ Pflanze und Gift zu sein. Äh, das, äh, bremst uns ein bisschen aus. Aber kein Problem für den strämen Max. In der strämen Max macht er einfach eine Konfusion. Und dieser Kampf sollte geklärt sein. Mega-Sauger, Knospi. Ich will dir nicht zu nahe treten. Aber du müsstest zu dem, äh, Zeitpunkt dieser Generation, auch der Generation danach, das schwächste Pokémon von den Stats her sein. Okay, das heißt, wenn du einfach gehst, wäre das wirklich okay. Warte, war es Knospi oder war es? Sonnenkern. Waren beide ziemlich weiter unten. Ich glaube, es war Sonnenkern, fällt mir gerade auf. Ich verwechsel die beiden immer ganz gerne mal miteinander. Ist eine kleine Marotte von mir. Ja. Ah, okay, macht eine Konfusion. Anzumptablen Schaden. Und Burmi setzt Tackle ein gegen einen strammen Max, wirklich. Und Schutzschild. Denn, man kann ja nie wissen, wie dieser Kampf sonst noch laufen wird. Besser ein bisschen Zeit rausholen mit Schutzschild. Um noch ein bisschen überlegen zu können, ob der nächste Tackle nicht vielleicht den Schwachpunkt von strammen Max trifft und drei Kaffee Schaden auszahlt, statt nur einem. Du musst die in der Lage wohl eingestehen. Das solltest du besser. Denn du wirst verloren. Wo ist der dritte? Wo ist Nummer drei? Da ist Nummer drei. Ich höre, zum Ninja-Trio entdeckt zu werden, zwinge ich mich zum Kampf. Ihr sagt ja alle drei das gleiche. Ich dachte, sie hätten wenigstens leicht abgeänderte Dialoge oder so, aber na. Uh, ein Kickli. Uh, das könnte gute Erfahrungspunkte geben. Dann würde ich sagen, Zauberblatt! Wo sapfelt es natürlich schneller. Wo sapfelt es so ein schnelles Pokémon. Das sollte mein Leben auch etwas erleichtern. Wie viel Schaden macht Zauberblatt? Oh, okay, okay. Okay. Ich habe mich ein bisschen gefreut und dann war es ein Volltreffer. Also, ebenso, dass es so viel Schaden gemacht hat. Ich meine, ja, Zauberblatt ist halt... Ein 60er-Angriff ist halt echt nicht so optimal. Wir müssen da wirklich noch etwas Besseres bekommen. Wir sollten irgendwann demnächst auch mal die VM-Surfer bekommen. Wo ich auch übrigens absolut nichts dagegen hätte. Und ein Sengu. Kann Sengu was gefährlich ist? Wird wahrscheinlich die Zermalm klauen können, aber... Ist sie gefährlich? Ich glaube nicht. Ja, vielleicht wäre es Schlitz-Einsatz gefährlich sein, wenn es ein Volltreffer landet. Aber wir werden sehen. Davon rede ich. Das war ein normaler Treffer. Oh. Au. Au. Ich war mir so sicher, dass das ein Volltreffer war. Das war ein Voll... Oh mein Gott, dieses Sengu ist so stark. Was? Oh Gott. 12 Kaffee Schaden. Mit dem normalen Treffer. Uiuiuiuiui. Ich fände beim nächsten Mal die Liga daben Sengu ins Team zu nehmen. Vielleicht sollte ich das machen. Was? Der normale Treffer gegen Mosap hat einfach so viel Schaden gemacht. Ähm... Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber wir ignorieren das Ganze einfach mal. So, lass mich nochmal eine Super-Tanke wegmüllen. Denn im Kampf werde ich die sowieso nie wieder einsetzen. Dafür sind sie viel zu schwach und haben noch so viel Kumo-Milch übrig. Fällt gerade auf, ich habe so viel Kumo-Milch gekauft, ich habe das meiste davon gar nicht verwendet. Aber ich habe lieber zu viel Heilungs-Items dabei als zu wenig. Kann ich da, ich kann mich durch Kämpfer nicht mehr einfach so durchheilen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Sinn, dass ich nicht so viel mehr, äh, so viel noch übrig habe. Und ich habe einen Hyper-Ball gefunden. Das ist ja hyper-nützlich. Ja, der kostet 1200 Poké-Dollar. Das ist ja nicht verkehrt. Haben wir noch Auflockern von Trashy? Oh, wir haben Auflockern von Trashy! Lockere den Nebel auf, Trashy! Wenn ich doch nur die VRM-Auflockern anwenden könnte, dann könnte ich diesen Nebel verschwinden lassen. Wie Auflockern funktioniert, schlagen Vogel- oder Käfer-Pokémon nicht mit ihren Flügeln und lösen den Nebel somit auf. Nein, das war Trashy. Und hier sind noch mehr Ninjas unterwegs. Ich habe dich überrumpelt, während du dich doch erholst, habe ich den Kampf bereits entschieden. Oh, eiskalt überrumpelt. Dann werde ich mal versuchen, mich zu erholen, bevor er den Kampf entschieden hat. Labras Level 29. Rosapil, zeig, was du drauf hast. Dieser Kampf könnte kritisch werden. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn du demnächst mal einen Angriff lernst fürs Protokoll. Uh, ich schaffe die Hälfte. Wir schaffen über die Hälfte. Abgesang ist ein bisschen nervig, aber Abgesang darf natürlich nicht mit Abgesang bunt verwechselt werden. Das heißt, wir haben noch eine gute Runde, um noch ein Zauberblatt zu machen. Und danach sollte ich eventuell Rosapil zurückziehen. Ähm, können wir uns bitte darauf einigen, dass jetzt kein Boinglau eingesetzt wird oder ein anderes Pokémon mit der Fähigkeit Wegsperre? Das ist, finde ich gerade echt cool. Oh, Geowatz wird so gut dagegen, dafür Rosapfel. Was? Wir ziehen's durch. Oh, wir ziehen's durch. Wir werden die Erfahrungspunkte noch mitnehmen. Komm schon. Oh, was für Treffer! Ich höre ich das an, direkt ein Level ab. Und Level 31 für Rosapfel. Ganz recht. Abgesang steht bei 1. Ähm. Ich würde gerne mein Glück noch gegen Volteros versuchen, aber wir ziehen uns ja besser zurück an dem Punkt. Und dazu muss man fairerweise sagen, Volteros müsste vom Typ Gestein und Stahl sein. Das heißt, Pflanzenangriffe werden sowieso nur neutral. Aber dennoch. Angeberei. Sitzbank, lass dich von dieser Angeberei nicht bedrohen. Volteros tut zwar so, als ob es bequemer wäre, auf ihm zu surfen oder auch zu reiten. Aber glaub mir, dein ganzer Körper wurde nur erschaffen, um Menschen den Weg über das Wasser zu erleichtern. Lass dir sowas gar nicht erst einreden. Warum hast du noch ein KP übrig? Oh, es hat Antikkraft. Äh, war nicht so viel Schaden. Denk dran, Sitzbank, du bist viel bequemer als Volteros. Das ist aus Gestein und Stahl. Das kann gar nicht bequem sein. Und jetzt setzt die Aquawelle ein. Oh, Sitzbank. Eisenabwehr. Ich mein, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass ich keine... Moment, nein, das ergibt gar keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, wenn wir davon ausgehen, dass ich keinen speziellen Angriff hätte, weil das ist jetzt eine gefährliche Situation, aber das ist mir eingefallen. Das ergibt gar keinen Sinn. Du hast ja erst meinen Angriff von zwei Stufen gesteigert und jetzt deine Verteidigung. Und ja, jetzt hast du verloren. Was soll das für eine Taktik sein? Bin mir schlecht. Aber wir können natürlich wirklich viele Erfahrungspunkte reinholen. Das ist ziemlich gut. Und ein Pikachu. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es ist an der Zeit, bis jetzt man sich zurückzuziehen. Denn ich weiß nicht, es könnte wahrscheinlich schon Donnerglitz drauf haben. Offenlegung. Okay. Ich vertraue dem Pikachu auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, was Offenlegung genau macht. Das ist einer dieser... Ich glaube, das ist ein Angriff, der auch wenn er eingesetzt wird, wo ich mir denke, was hat er jetzt eigentlich gemacht? Wir werden es auch diesmal nicht herausfinden. Ich mein, irgendwann weiß ich es wieder, aber dann werde ich es wieder vergessen. Es ist einer von diesen Angriffen. Was geschieht hier? Solltest du viel öfter was verlieren oder so? Ich hab's nicht ganz durchgelesen. Magst du nicht, dass die Texte, wenn man einen Trainer besiegt hat? Hackadack! Bis sie einfach so schnell durchrasen. Als Ass-Trainer muss ich Kämpfe gut verarbeiten, vorbereitet sein. Ich muss cool und ruhig bleiben, egal ob ich gewinne oder verliere. Und dann würde ich sagen, du hast schon mal die besten Voraussetzungen, um diesen Kampf zu beenden. Und zwar wirst du cool bleiben, egal ob du gewinnst oder verlierst. Und ich hab so eine Vermutung, ob du gewinnst oder verlierst. Ähm, setzen wir Sitzbank wieder ein. Stahlangriffe sind natürlich neutral. Gegen Sitzbank, aber mal schauen. Setzt überhaupt der Stahlflügel? Teilzaut. Spezialverteilung sinkt stark. Gute Sache ist, dass Panzer Aeron nicht wirklich ein spezieller Angreifer sein sollte. Der Stachler! Oh, ich wusste nicht, dass wir Competitive Generation 4 spielen. Zum Glück habe ich meinen Turbodreher parat. Aber wenn ich nicht will, ich habe keinen Turbodreher. Aber ja, Panzer Aeron sollte keinen als so einen Spezialangriff haben. Also, alles gut, alles. Man kann zweimal Stachler einsetzen. Oh, oh. Was war Stachler denn? Wie ist der Stachler? Hat Stachler irgendwie Schaden gemessen am Gewicht gemacht oder so? Oder war es einfach ein größter Prozentsatz? Ich weiß gar nicht. Oh, da ist ein spezieller Angriff. Ja, aber der macht nicht viel Schaden. Im Idealfall würde ich jetzt einfach... Ich glaube, es war immer ein Prozentsatz. Wahrscheinlich 12,5 Prozent, wenn nur einmal Stachler liegt. Und 25, wenn es zweimal liegt. Könnte ich mir vorstellen. Ich mutmaß hier nur. Wenn man nicht gerade online spielt, begegnet man nicht auf Trainern, die Stachler einsetzen. Ja, mega. Das sollte auch kein spezieller Angreifer sein. Das heißt, wir können auf jeden Fall... Au, Antikkraft. Au, au, au. Können auf jeden Fall drin bleiben. Großer Gott. Oh, diese Antikkraft war nicht gut. Was machen wir am besten? Wenn wir die Antikkraft einsetzen, also wechsel ich am besten auf den strammen Max. Denn der stramme Max kann sowas ganz gut wegstecken. Okay, wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, Stachler stack dich, wenn man es öfter einsetzt. Und das war nicht viel Schaden. Ich wusste übrigens nicht, dass der Mega tatsächlich direkt so stark ist. Wir müssen langsam vorsichtig sein, was die Gegner angeht. Oh Gott. Natürlich trifft das. Denn langsam werden sie wirklich gefährlich. Was dazu beiträgt ist natürlich, dass die Gegner vom Level her über mir sind. Und viele meiner Pokémon haben aktuell echt keine so guten Angriffe. Oh. Der stramme Max zählt natürlich nicht dazu. Auch wenn auf den ersten Blick seine Angriffe nicht so stark wirken. Darf man jedoch nicht vergessen, dass die es trotzdem sind. Schau mal, Max bleibt stark. Yes. Wer so stramm ist, der kann sich nicht einfach bezwingen lassen. Von einer Libelle. Was ist das für eine Lebensspanne? Vier Tage? Ich würde sagen, deine vier Tage sind abgelaufen. Ich glaube, es waren so die vier Tage. Libellen leben und wenn sie die Libelle sind und keine Larve mehr, dann ist ihr Leben quasi vorbei. Das Einzige, was sie noch machen können, ist, ihre Gesäße aneinander quetschen und sich fortzupflanzen. Was für ein grausames Leben. So, alle seine Stats sind gestiegen. Das macht den Mega noch ein kleines bisschen gefährlicher. Aber es sollte keinen Angriff haben, der ein großes Problem für strammer Max darstellt. Das heißt, es ist nicht so problematisch. Verfolgung. Volltreffer, wirklich? Das hat also das Gefühl, dass ich auswechseln werde. Und wenn ich ausgewechselt hätte, dann wäre strammer Max jetzt draufgegangen. Das ist sehr beruhigend zu wissen. Dieses Jahr war mega problematisch gerade. Das gefällt mir überhaupt nicht. 6,99 Erfahrungspunkte. Für Sitzbank ebenfalls. Level 32 für Sitzbank. Yes! Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Weg mit Blizzard. Weg, 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 weg. Ich meine, Blizzard macht mehr Schaden, aber komm schon. Eistrahl ist so viel besser. Es trifft tatsächlich. So viel besser. Oh, das sieht immer noch dumm aus. Ah, ich denke, wir wechseln wieder zu Rosapfel. Huh, aktuell muss ich ganz schön viel durchwechseln. Wir haben es aktuell mit richtigen Gegnern zu tun. Es hat lange gedauert für diesen Punkt, aber ich glaube, wir erreichen langsam. Und, okay. Schlammbaume macht nicht viel Schaden. Mega Sauger! Tja, jetzt brauchen meine Pokémon nur noch alle akzeptable Angriffe und dann sind wir bereit. Oh, was für ein Treffer! Also manchmal, wenn Rosapfel richtig zuschlägt, dann trifft es aber auch richtig. Oh je, wir haben verloren. Das habt ihr. Das war auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr cool, auf deine Niederlage reagiert, muss ich sagen. Oh je, wir haben verloren. Ich werde immer cool bleiben, auch im Hinblick auf eine Niederlage. Oh je, Mine. Das war aber nicht gut. So, wen haben wir hier? Hallo? Zwei gegen zwei. Huh. Sieh nur, Ines, ich werde alles einsetzen, was du mir beigebracht hast. Hier kommt ein Trainer, bist du bereit? Ede, los geht's! Weiß nicht, weil ich hier eine alte Oma oder so? Nein, okay. Holnona und Tauboss. Oh. Das sind zwei Gegner, die nicht gut für Rosapfel sind. Muss ich ehrlich gestehen. Wir können aber direkt den Eistralben Einsatz sehen. Machen wir mal Aqua Knack auf Holnona. Wir müssen wirklich Surfer lernen. Kokodok braucht den Surfer sehr dringend aktuell. Blut sollte nicht so viel Schaden machen, yeah. Agilität. Das ist mir relativ egal. Ihr seid sowieso schneller als wir beide, also... Sie haben jetzt recht sein, wenn du eine Runde verschwendest. Verknarre. Macht wie viel Schaden? Nicht so viel, wie ich mir wünschen würde. Aber das ist okay. Aber ich sage, wir werden direkte Taubos einfach mal ausschalten. Mit einer Kombination aus einem Eisstrahl und einem Eiszahn. Mal schauen, ob Taubos das überleben wird. Ich hoffe, die Antwort ist nein. Und ist das etwa einer der schwächsten... Moment, ich glaube, Windrose kann es doch rückschrecken lassen. Ja, das kann es. Eisstrahl. Die Animation 3 von Eisstrahl war so cool. Ich habe das Gefühl, danach kamen sie da nie wieder so ganz ran. Ist ein bisschen schade, aber... So ist wohl manchmal das Leben. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen eine Hydro-Prompe auf Holnona. Und einen Eiszahn auf Taubos. Und auch noch das Beste. Down and Reignal senkt den Angriff stark? Yeah. Gute Sache ist, das Sitzbank nicht fortphysisch anzugreifen. Also hat das gerade absolut nichts für uns geändert. Mir fällt gerade auf die Gegend. Also beide auf Level 36. Ach. Wir müssen langsam ein bisschen mehr trainieren. Das wird das irgendwann unangenehm ausgehen. Und vor allem gibt es noch so viele Pokémon aus meinem Team, die ich noch weiter trainieren müsste, aber... Ah, es ist schwer. Ich muss erst mal meine Pokémon, die tatsächlich aktuell kämpfen können, noch weiter hochleveln, bevor ich irgendwas anderes hinbekomme. Huh. Mann. Jemand, der noch stärker ist als wir. Ich wurde gerade von den Augen meines Freundes irgendwas beschämt. Warum ist der Text immer so schnell weg? Was soll das überhaupt? Hallo. Scheint sehr viel Selbstvertrauen zu haben. Mal sehen, ob du... Äh, zu Recht. Ich glaube, das hier waren die Pokémon Ranger, oder? Im regulären Spiel. Jetzt ist auf jeden Fall die Elite vor. Yo. Riolo. Ah, für welchen Typ bist du? Ist Riolo schon Stahl und Kampf, oder ist es nur Kampf? Ja, wenn es nur Kampf ist, sollte dieser Angriff eine relativ akzeptable Wirkung erzielen. Das war eine relativ akzeptable Wirkung, würde ich einfach mal behaupten. Ambi-Dipfe? Oh. Schau genau hin, Hans. So stark wirst du auch mal, weil außer wenn es stirbt, dann schau nicht hin, aber sonst könntest du auch mal so stark werden. Ehrlich gesagt, wenn das Doppelschlag macht, könnte Rosaphe eventuell sterben. Das heißt, ich bin etwas besorgt. Sternschauer sollte auch um 50% verstärkt werden. Das heißt, der sollte relativ stark sein. Okay. Nicht so stark. Ich meine, es ist immer noch Sternschauer. Ist trotzdem dummer Angriff. Und das war so heute Ambi-Dipfe. Puh. So weit, so gut. Und ein Tangela. Tangela ist natürlich das einzige Pokémon, das mir gerade einfällt, aus Generation 1, welches nur vom Typ Pflanze ist. Aber ich glaube, da gab es noch eins, aber ich weiß nicht welches. Und dieser Giftstachel macht nicht viel Schaden. Wir sollen den Giftstachel bei Gelegenheit verlernen. So sind wir am besten gegen Pflanzen-Pokémon parat. Nein, Sitzbank theoretisch, aber Sitzbank hat auch eine gewisse Pflanzenschwäche, bei der ich nicht unbedingt mein Glück allzu sehr herausfordern möchte. Also versuchen wir es doch mit dem strammen Max. Ich glaube, wir sollten demnächst auch mal in der nächsten Stadt ankommen, was jetzt cool wäre. No, natürlich steigen alle deine Stats an. Ist ja gut. Und Metallklaue. Antikkraft. Wenn wir jetzt noch mal alle Sets steigen, dann könnte dieses Tangela tatsächlich gefährlich werden. Okay. Alles gut. Steiger deinen Angriff, strammer Max. Warte, warum hat dieses Tangela so eine hohe physische Verteidigung? Ich wusste nicht, dass das bei Tangela eine Sache ist. Was ist denn mit speziell? Ja, nee, nicht ganz so hoch. Okay. Mein Gott, hat die Verteidigung gesehen? Dieser Spaghetti-Haufen ist einfach ein Tank. Und, nee, noch nicht ganz, aber wir haben sie gleich. Jede Sekunde. Egal, was jetzt passiert, auch wenn du all deine Stats steigerst. Dieser Kampf ist gewonnen. Ich glaube, es ist auch die letzte Antikkraft, die Tangela einsetzen kann. Antikkraft ist irgendwie in den Nassau-Challenge immer wieder ein Angriff, der einem das Leben erschwert. Auch wenn man davon nicht ausgehen würde, aber problematisch. Lernen wir Patronenhieb. Nein. Haha, eine totale Niederlage für mich. Haha, ja, das war eine totale Niederlage für dich. Haha. Ich denke, wir sollten versuchen, auf Patronenhieb als nächstes zu gehen mit strammer Max. Das hat erstmal die höchste Priorität. Das heißt, wir werden die neue Stelle packen und schauen, was wir noch ein Level-Up mitbekommen, mitnehmen können. Da könnte ich rüberfahren. Hm. Will ich da rüberfahren? Das ist doch die wichtige Frage. Die Antwort ist ja und da ist ein kleiner Ninja. Ein Ninja kann alle möglichen Fähigkeiten anwenden, so wie diese. Und diese. Das sind ziemlich viele Fähigkeiten, die du hier gerade anwenden kannst gegen mich. Sandan. Das ist ein Pokémon, welches im Kampf gegen strammer Max eher ungünstig ist. Deswegen werde ich ehrlich gesagt direkt auswechseln aufs Sitzbank. Denn ich will nochmal einen Eistrahl sehen. Wir konnten bisher nur einen Eistrahl-Einsatz sehen. Und Eistrahl ist so ein cooler Angriff. Und er ist so stark. Er ist einfach ein 95er-Angriff, der trifft. Ist einfach so gut. Oh, und da sind die Überreste. Eistrahl ist einfach schwer in Ordnung als der Angriff. Dann setzen wir ihn ein. Wir müssen auch nicht mehr allzu sehr auf Hydro-Pumpe inzwischen setzen. Ich meine, ich werde Hydro-Pumpe noch weiterhin einsetzen. Aber wir brauchen sie nicht mehr zwangsweise. Denn wir haben den guten alten Eistrahl. Der gegen viele Pokémon auch ziemlich gute Arbeit leistet. Vor allem können wir jetzt vernünftig gegen Flug-Pokémon ankommen. Und ich denke, das ist schon mal relativ hilfreich. Zertrümmerer brauchen wir hier. Ein Glück, dass wir jemanden bei uns haben, der jetzt den Zertrümmerer einsetzen kann. TM69 hat es in sich. Schauen wir mal, wer es lernen kann. Weil Erdbeben ist eigentlich an sich. Erdbeben ist für jeden hilfreich. So, kann jemand von euch Erdbeben lernen? Ich denke, das Schicksal hätte entschieden, dass Stramamax Erdbeben lernen sollte. Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, dass ich schon erhofft hatte, dass Stramamax es lernen kann. Weil Erdbeben ist einfach... Das ist ein Angriff, der passt zu dem Metacross. Ich meine, es ist riesig aus Stahl. Pseudo-Legendary von dieser Generation. Oder was ist Butterlander? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall stark. Und Erdbeben ist ein starker Angriff. Das passt einfach. Und unter der Brücke ist ein Trainer. Das Ninja, den habe ich vorhin ganz genau gesehen. Und zwar ganz genau. Ein Palim-Palim. Ein Glück, dass wir... Hat Palim-Palim Schwebe? Führen wir es heraus. Es hat Schwebe. Cool. Nein, nicht der Gainer. Der macht mich so müde. Äh, Verfolgung. Komm schon. Sei genug um Palim-Palim zu... Es reicht nicht mal zur Hälfte. Ach Gott. Sieh was? Dieses Mal werden wir die ganze Sache anders handhaben. Und zwar werde ich einfach den Aufwecker einsetzen. Weil ich habe keine Lust, dass wieder ewig zu warten, bis Stramamax aufwacht. Das ist eine ganz coole Sache in Pokémon, äh, XD und Colosseum. Die Pokémon, die man da einsetzt, sind Krypto-Pokémon, die sind böse und sowas. Und sie können in den Krypto-Modus gehen, wo sie dann quasi einen Wutanfall haben und komplett außer sich sind. Und wenn das passiert ist, dann muss man sie rufen, damit sie erst wieder zu sich kommen. Das heißt, man hat, ähm, statt dem Fluchtmenü, hat man, äh, den Befehl rufen. Und wenn man das mal in Pokémon macht, das schläft, dann wacht es direkt auf. Das fand ich irgendwie immer ganz cool. Man kann einfach ein schlaftes Pokémon direkt, indem man spooft, aufwachen. Mit der Funktion, die eigentlich für was ganz anderes gedacht ist. Aber man muss sie einfach nur kreativ nutzen. Aber mein muskulöser Körperbau. Ja, der ist ziemlich beeindruckend. Wir Ninjas tauchen immer darauf, wo du uns am wenigsten erwartest. Welcher? Ich hab dich erwartet. Ehrlich gesagt. Ein Arbok. Arbok ist ein hervorragender Gegner für Strammer, Max. Denn Arbok hat eine Psycho- und eine Bodenschwäche. Wir müssen mit Nerdbeben. Yeah. Ja, das will ich sehen. Und Arbok ist besiegt. Und als nächstes ein Knarkse. Äh, was machen wir denn die Knarkse am besten? Erdbeben! Das ist meine Universalantwort auf alles ab jetzt. Das gute alte Erdbeben. Ich meine, es ist immer eine Verteidigung. Es ist ein sehr effizienter Angriff. Und ich sehe gerade, ich glaube, außer, abseits von dieser Route, werden wir in diesem Part übrigens nichts schaffen. Aber das ist okay. Jetzt, wo aktuell wir vom Level her etwas höher ansteigen, fangen die Kämpfe an, halbwegs interessant zu werden. Ich habe das Gefühl, auch meine, die Pokéballs beim Team fangen an, halbwegs interessant zu werden. Es ist alles halbwegs interessant. Nicht sonderlich, aber halbwegs. So ein kleines bisschen. Ich werde dich über die Vorteile der Vogel-Pokémon belehren. Du meinst Flug-Pokémon. Denn es ist der Flug-Typ und nicht der Vogel-Typ. Es sollte ursprünglich bekanntermaßen der Vogel-Typ sein, aber das wurde geändert zu Flug. Flug ist immer, ich habe das Gefühl, Flug ist einer der seltsamsten Pokémon-Typen. Es hat, ich glaube, es hat ein bisschen zu Generation 5 gedauert, bis es zum ersten Mal einen Monotyp-Flug-Pokémon gab. Davor war Flug immer ein Sekundär-Typ. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch irgendeinen Typ, bei dem das der Fall ist? Ich glaube nicht, oder? Mein Stahl ist ein nicer Kandidat für einen Typen, der sehr oft von einem, äh... Warte, wann gab es das erste Monotyp-Stahl-Pokémon? Oh, Registil. Registil müsste das... Es gab bis in Generation 3, 1, okay? Okay, dann legen wir uns darauf. Oh, das war eine Menge Angriff, den du hast da erzählt, ja. Aber Flug, es war einfach... Flug war immer seltsam. Es konnte nie als eigener Typ für sich selbst stehen, für die längste Zeit. Patronenheb macht 40 Schaden. Geht, dann wird von Ultraschneiden-Heb getroffen. Hohl, äh, Erschlag-Anti. Ich dachte, es wäre ein starker Angriff. Was soll ich denn mit diesem dummen Patronen-Heb? Der ist komplett nutzlos. Hohe Erschlag-Garantie, was interessiert mich das? Ich dachte mir, oh, das ist eine hohe Volltreffer-Quote, okay. Dachte ich mir, das ist vielleicht trotzdem okay, aber... Ja, hohe Erschlag-Garantie, nicht mal garantiert der. Komm schon. Vor allem für den Angriff, der 40 Schaden macht. Ich dachte, Patronenheb wäre gut. Ich lag so dermaßen falsch. Ein Plimpfer! Strammer Max, du weißt, was sie mit kleinen Pinguinen anstellen. Wir erdbeben sie. Und dann haben wir Plimpfer besiegt. Ich meine, vielleicht wird es auch überleben, aber ich halte es einfach mal für... Wahrscheinlich. Ich halte es einfach mal für sehr wahrscheinlich, dass es überleben wird. Wow. Diese Lake hat sehr viel mehr Schaden gemacht, als ich mir wünschen würde. Oder wie manche Leute mich korrigieren wollten. Oh, das heißt Lake. Nein, das ist eine Lake. Das fand ich lustig. Das war mal... War das nicht sogar... War das nicht sogar die letzte Nasenock, die wir gemacht haben bei... Ne, warte. Gab es Lake in Smaragd überhaupt schon? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann gab es mal eine. Da gab es irgendeinem Pokémon, das hat öfter Lake eingesetzt. Es gab manche Leute, die meinten, du sprichst den Angriff ganz falsch aus. Das ist Englisch für Lake. Aber es gibt gar keinen Sinn. Warum sollte das Lake bedeuten? Das ist eine Lake. Das fand ich lustig, weil es einige gab, die davon ausgingen. Ich will euch nicht auslachen, aber... Ein bisschen. Vielleicht ein bisschen, okay. Ein kleines bisschen, aber auch nicht viel. Aber nur ein bisschen. Gerade so genug, um meine Gutherzigkeit diesbezüglich noch nicht komplett zu verlieren. Eisstrahl. Dieser Montag hat übrigens eine sehr hohe Verteidigung, was mir nicht gefällt. Aber ich denke, der Eisstrahl könnte eventuell ein Drittel schaffen. Oh, eingefroren. Na gut. Dann sollte dieser Kampfhund jetzt etwas entspannter werden. Auch wenn es natürlich direkt nach einer Runde auftauen kann. Das ist immer eine Sache, die ich nicht mag, wenn ein Gegner eingefroren ist. Er kann einfach instant wieder auftauen. Das ist eine Sache, die ich sehr mag, wenn ich eingefroren bin. Aber bei Gegnern? Komm schon. Und er ist wieder aufgetaut. Der Gegner einzufrieden ist ein Effekt, den man nur so selten hinbekommt. Aber irgendwie verschwindet er immer so schnell. Ist irgendwie nicht mal so nicht effizient. Ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Und wir haben ein Schnäppke. Schnäppke wäre natürlich ein idealer Kandidat, um Erdbeben abzubekommen. Aber fangen wir mit der Hydro-Pumpe an. Und ich denke, die könnte ausreichen, um Schnäppke zu beseitigen. Ich hätte es übrigens kaum erwarten, bis wir endlich die VM-Surfer bekommen. Ich habe nämlich langsam keine Lust mehr, äh, zwischen Hydro-Pumpe und Aqua-Welle mich entscheiden zu müssen, weil Aqua-Welle ist immer die schlechteste Wahl. Aqua-Welle ist an dem Punkt halt auch schon kein so starker Angriff mehr. Vor allem vergleich mit Eistrahl und Hydro-Pumpe. Das heißt, wenn wir Surfer bekommen könnten, wäre das echt cool. Das würde ich echt zu schätzen wissen. Ich habe verloren, aber woher kommt dieser Energieschub? Keine Ahnung. Trailing oder sowas. Route 210 und Elysées. Wir nehmen die Citro-Bären mit. Und dann würde ich sagen, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Eigentlich kann ich nicht. Ich wollte einfach gehen. Ich dachte mir, diesmal bin ich stark genug, um die Bären einfach zu innovieren und abzuhören. Aber ich bin nicht stark genug dafür. Das ist schlicht und ergreifend keine Option für mich. Ist denn Elysées eigentlich eine Arena? Das war diese eine Stadt, die so den Krater in der Mitte hat. Wenn wir nicht alles täuschen. War da eine Arena? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Da war nur so ein Schrein oder sowas. Aber hey, wir haben die Stadt erreicht. Wir können auf jeden Fall bei Sintias Großmutter was abgeben. Und wir haben erstmal eben unsere Pokémon. Und dann würde ich sagen, wir sind soweit erstmal für heute fertig. Wir haben die Route überwunden, die nächste Stadt angepeilt. Und wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Pokémon Platin, der Randomizer Nazdok Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Hallo und willkommen zu Pokémon Platin in der Randomizer Nazdok Challenge. Beim letzten Mal haben wir die Stadt aufgesucht. Heute werfen wir mal die Angel aus. Wir werden sehen, was wir hier angeln können. Ich denke, das wäre ein ganz guter Anfang. Immerhin, wenn wir schon mal hier sind. Spricht dich wirklich was dagegen? Ich habe den Geheimtakt auch im Moment, aber warum? Wir haben die Ente noch schon von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Beim letzten Mal. Erinnert euch sicher noch, dass das beim letzten Mal passiert. Okay. Und es ist... Oh, Fion und Toss, so cool. Ah, das ist unser drittes Eis-Pokémon. Aber Fion und Toss, super cool. Ähm... Es sollte eine Verfolgung problemlos überleben können. Richtig? Nicht so problemlos, wie ich zunächst dachte. Aber problemlos genug, damit wir es fangen können. Kann sich Fion und Toss weiterentwickeln? Nein, ich glaube, das war... Schneppke hat zwei Weiterentwicklungen in Generation... Also ab Generation 4. Äh, Procedier. Ich glaube, dafür muss man Schneppke irgendwie anders entwickeln. Mit einem Leuchtstein oder sowas. Ich glaube, Fion und Toss konnte sich nicht weiterentwickeln. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Antlitz. Es verändert, dass Beute flieht, indem es die Feuchtigkeit in der Luft augenblicklich einfriert. Fion und Toss ist, ähm... Kalt und eine Kugel und kalt. Dann nennen wir es also, ähm... In Anlehnung an den Arenaleiter, der in Smaragd einmal alles beendet hat, kalter. Wie der gute Walter, nur sehr kalter. Verstehe hier. Vor einer Ruine steht ein seltsamer Typ, der aussieht wie ein Raumfahrer. Bei einer Ruine ist nichts Besonderes und gerade das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesen Raumfahrer zusammen mit meinem Pokémon vertrieben. Oh. Er sagt, er will die Stadt mit der Bombe zerstören. Der hat Nerven. Warum stehen alle so neutral den Bombendrohungen und der Tatsache, dass die Bomben mit sich herumschleppen gegenüber? Hey, weißt du, was die Legende sagt? Ein Pokémon soll die Region Sinnung gestaltet haben. Ach so. Das sagt eine Legende. Aufregende Legende. Hallo, Woneira. Ich vergesse immer, dass Charnera eine Babyform hat. Ich muss mich am Riemen reißen und trainieren. Und die Zeit ist unwichtig. Daher habe ich auch keine Verwendung für diese Uhr. Hier, die schenke ich dir. Eine Analoguhr. Er hat keine Verwendung dafür. Dann zeigt mir doch mal die Analoguhr. Oh ja, ich glaube, die hatte ich ja die meiste Zeit über einfach aktiviert. Moment, das ist die falsche. Wir haben eine neue Uhr. Die, die hätte ich nicht so oft aktiviert. Die ist ein bisschen dumm. Deine Pokémon. Ich habe aber kein Ebuli. Hä? Ich habe doch kein Ebuli. Das Ebuli wurde doch zu Bidifast. Zu dem hier. Genau. Vorfahren angezeigt, die sich schon entwickelt haben. Oh, die Karte könnte vielleicht relativ hilfreich sein. Fällt mir gerade auf. Vielleicht lassen wir mal die Karte ein bisschen offen. Es gibt so viele von diesen Teilen, das ist so nervig durchzweck, dass ich mir nie die Mühe mache. Wenn ich auf die Kraterberg klettern würde, könnte ich dann wohl ganz Sinnoh sehen. Ja, warum nicht? Mitten in der Region Sinnoh erhebt sich der Kraterberg. Er ist dem Himmel näher als alles andere in dieser Region. Also, ich könnte sagen, in der Höhenregion gibt es den Himmelsturm. Hallo, studierst du die Geschichte in dieser Region? Nicht wirklich. Warum? Diesem Ort gibt es kein Pokémon-Supermarsch. Dessen kannst du in diesem Haus hier Items kaufen und verkaufen. Oh, ein Schwarzmarkt also. Das ist okay. Ist üblicherweise günstiger. Setz meine Brille auf, ändert sich die Sicht auf die Welt. Und setz meine Brille ab, ändert sich die Sicht auch. Philosophisch, was? Möchtest du, dass Pokémon eine andere Sicht auf die Welt bekommt? Schattenglas erhalten. Äh, ja, klar. Warum nicht? Schattenglas erhöht die Kraft für Unlichtattacken. Ähm... Erdlich will ich irgendwas Neues. Oh, ich habe letztens auch zehnmal Top-Schutz noch gekauft im großen Supermarkt. Finsterball. Ich meine, davon können wir nicht... Oh... Flottball. Davon nehmen wir direkt 15. In der Flottball könnte uns ungemein dabei helfen, einige Pokémon zu fangen. Und ehrlich gesagt 20 Timer-Bälle. Denn der Timer-Ball kann sich auch als sehr hilfreich herausstellen. Wo kommst du denn her? Hm, Zweiblattdorf, sagst du. Ist das nicht in der Nähe vom See der Wahrheit? Man sagt, der See der... Äh... Der Heimat von... Sei die Heimat von Vespriet. Vespriet, das Fühlen der Wesen. Ist es gut möglich, dass dieses Pokémon über dich wacht. Möchtest du mehr über die Vespite erfahren? Ja, warum nicht? Vespriet ist das legendäre Pokémon, das die Gefühle symbolisiert. Außerdem gibt es noch Selve, das Wesen der Weisheit. Und Tubuts, das Wesen der Willenskraft. Diese drei Pokémon sollen stärker, aber dennoch einfühlsame Persönlichkeiten haben. Die Kraft ihrer Persönlichkeiten hält die natürliche Balance im Sinn oder im Gleichgewicht. Ah ja. Meine große Schwester studiert die Mythologie Sinus. Sie will wissen, wie Menschen und Pokémon in der alten Zeit miteinander lebten. War es damals anders als heute oder war es genauso wie heute? Sie sagt, dass sie sich bei ihren Forschungen auf die Fragen stützt. Das ist ein altes Buch, um die Mensch fängt an zu lesen. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es unsere Intelligenz und damit unser Leben. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es unsere Gefühle, machte uns mit Freude und Leid bekannt. Als das Pokémon geboren wurde, stärkt es unsere Willenskraft und unsere Tatkraft. Ich sehe schon so ein richtiger Super-Pokémon. Ich brauche das Trio von hier nie sonderlich, aber das ist okay. Das ist ja nicht komplett fürchterlich, aber ich habe das Gefühl, dass sie mir immer zu ähnlich aussahen, ehrlich gesagt. M.O.P. Mensch hat Zink gefunden. Ich meine, kein Wunder bei der Menge von alten Leuten in der Gegend, dass man hier eine Packung mit Zink findet. Oh, das ist mein Zink. Okay, ein Item. Komm schon. Der Wiesenbrief! Wir haben ihn! Okay, wir haben Dialga und Palkia. Dieser Ort ist ohne Bedeutung. Hier gibt es nichts von Wert. Daher macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Team Galaktik-Bomben bezünde. Wenn du dich eben hier in den Weg stellst, werde ich dich durch einen Pokémon-Kampf besiegen. Also, willst du dich immer noch mit mir anlegen? Ja. Du wagst es nicht, Team Galaktik in den Weg zu stellen. Das heißt, du nimmst dich mit der ganzen Welt. Nein, mit dem Universum auf. Warum ruft niemand die Polizei? Ich meine, okay, ein bisschen was. Nein. Warum ruft niemand die Polizei? Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir die internationale Polizei bei uns haben. Die gute Lebelle ist Team Galaktik natürlich immer auf der Spur. Und das ist in irgendeiner Hinsicht so eine Art Polizist. Und Voltila hat das sowas von nicht überlebt. Sehr schön. Und ein Dratini. Erdbeben. Warum überlege ich überhaupt? Es ist nicht so, als ob ich an dem Punkt stärker einen Angriff als Erdbeben hätte. Und Erdbeben macht relativ kurz Prozess mit dem Weißgericht. Und warum sind Seilpuppen eigentlich so viel niedriger Levelt, als zu trennen auf dem Weg hierher? Die Levelkurve ist seltsam in diesem Spiel. Ich wurde gerade eindeutig besiegt und das auch noch vor einem Kind. Ich frage mich, ob es da einliegt, weil die Reihenfolge, in welcher man die Städte abklappert, in diesem Spiel anders ist als in Diamant und Perl. Ich habe deswegen nicht irgendwie Dinge durcheinander geraten. Es wird mir alles zu viel. Ich habe auch noch zwei Hände. Dieser Ort ist doch ein Nichts. Da verschwinde ich besser. Hey, du hast die Bombe vergessen. Kann ich die haben oder so? Oh, du warst großartig. Du bist vielleicht dein Trainer. Als Älteste von Elysis spreche ich dir unseren Dank aus. Oh, der Talisman. Darf ich mir dir mal ansehen, Kindchen? Was sagst du? Cynthia hat ihn dir gegeben, damit du ihn mir bringst. Dieses Cynthia. Sie ist übrigens meine Enkelin. Und wir geben ihr den Talisman. Dieser Talisman wurde vor ewigen Zeiten hier in Elysis angefertigt. Er wurde zu Ehren der mythischen Gottheit hergestellt. Die der Region sind nur ihre Gestalt gab. Es gab mehrere von diesen Talismanen. Und ab und zu findet man einen von ihnen. Und du schon einmal hier in Elysis bist. Warum siehst du dir denn nicht einmal die Ruinen an? Okay. Werfen wir einen Blick in die Ruinen. Ich mag es, dass die Musik sich nicht weiter ändert. Ja, und wie Mensch untersucht die antike Höhlenmalerei. Die Wand ist voller mysteriöser Zeichen. Drei seltsame Symbole formen ein Dreieck. Und in der Mitte dieser Anordnung befindet sich eine glänzende Sphäre. Was hat das nur zu bedeuten? Hm. Die Höhlenmalerei scheint folgende Bedeutung zu haben. Eins gab es einige Wesen. Sie waren mächtig und wurden in ihrer Zeit deswegen verehrt. Es gab drei Pokémon, der einen Kraft, der eines jeden der Wesen gleichkam. Diese schufen ein Gleichgewicht zwischen sich und jedem der Wesen. Indem sie eine Pyramide bildeten. Ach so, eine Pyramide. Das ist eine alte Legende aus Sinnoh. Die man sich noch heute in Elysis erzählt. Wüsste gern mehr über diese Legende, wenn dir es dir recht ist. Er mag das nur sein. Was ist der Typ wieder? Ich heiße Cyrus. Ich bin entschlossen, dem sinnlosen Streiten und den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Ich schrebe nach der Macht, um eine ideale Welt zu gestalten. Antworte mir also. Die heutige Welt kann sich nicht verändern, da die drei Pokémon im Gleichgewicht halten. Willst du das damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sich die Welt im Gleichgewicht befindet. Ich bin recht zufrieden mit der Welt in ihrem jetzigen Zustand. Deine Frage interessiert mich nicht. Du gibst also vor, dass es dir gleich ist? Wie unsinnig. Du willst einfach nicht zugeben, dass die Welt noch nicht vollkommen ist. Ich werde die Welt verändern. Im ersten Schritt werde ich diese Höhlenmalerei zerstören, die du all die Jahre bewacht hast. Ich werde die Welt verändern. Und ich beginne damit, dass ich diese antike Höhlenmalerei kaputt mache. Warum? Eine neue Legende, einer neuen Welt soll ihren Platz einnehmen. Das ist der falsche Weg? Wenn du so denkst, dann fordere mich doch heraus. Yeah. Ich kenne dich, Trainer. Wir sind als ein Kraterberg begegnet. Warum willst du diese unvollkommene Welt beschützen? Ich als Anführer von Team Galaktik werde dafür sorgen, dass du eine Fehler einsiehst. Oh nein. Oh nein. Es ist Rich Girl Donna. Okay, guter Anfang, guter Anfang, guter Anfang. Mal schauen, wie das laufen wird. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich gestehen. Aber Wullpix sollte soweit erstmal nicht alles viel ausrichten können. Weil die Gart hätte einfach Erdbeben spamen sollen. Hydropumpe! Oh, es kann schon Flammen wurfen. Oh, die Angriffe werden gefährlicher, dann sind wir aber sicher. Ich meine, das sage ich als jemand, der die ganze Zeit über Hydropumpe einsetzen kann. Das erinnert mich nicht daran, dass auch die Angriffe der Gegner gefährlicher werden. Okay, Nummer 1 ist besiegt. Nummer 1 ist besiegt. Halt dich. 119. 118. Das Problem ist, wir haben gerade mit dem Puppen nicht viel gegen Kingler auf der Hand. Aber, Rosapfel, wird die Sache schon geregelt bekommen. Habe ich recht? Bereite dich mental auf den Krabhammer vor, Stampfer. Au. Äh, Megasauger. Ich denke, Kingler sollte nicht die höchste Spezialverteidigung haben im Idealfall. Das müsste, glaube ich, mein physischer Verteidiger sein. Also, yeah, yeah. Megasauger hat hervorragende Arbeit geleistet. Wenn du deine Heilung direkt verschwenden willst, Cyrus, hätte ich da übrigens echt nichts gegen einzuwenden. Oh, ich meine natürlich Rich Girl Donna. Rich Girl Donna lässt sich nie von mir daran hindern, deinen dummen Heilträg zu verwenden. Wir können uns nicht wieder aufheilen. Und Kingler ist fast besiegt. So, wie viele Puppen hat Rich Girl Donna? Ich glaube, es waren vier oder drei. Mal schauen. Die ersten beiden sind auf jeden Fall ohne allzu große Probleme down gegangen. Und das ist gut. Das Problem ist, es sollten langsam die hochgelevelten kommen. 750 Erfahrungspunkte. Lernen, Angriff, Lernen, Angriff. Nein, immer noch nicht. Okay. Es sind gerade mal drei Puppen. For Stelka. Diesmal hast du mich dazu gezwungen. Äh, was wollen wir gegen For Stelka am besten? Ich denke, Wasserangriffe. For Stelka hat eine katastrophale Spezialverteidigung. Das heißt, mit Hydro-Pumpe sollten wir durch uns akzeptable Ergebnisse erzielen können. Die guten halten die Überreste. So viel zuverlässiger als Seegesang. Ich sag's euch. Hydro-Pumpe. Wobei man mit Seegesang wahrscheinlich mehr aufheilen kann. Aber ich weiß nicht. Die Überreste sind einfach immer zuverlässig. Okay. Da ist ja nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir erhofft hatte. Aber Cyrus hat ein ziemlich schwaches Team. Und das erleichtert mein Leben ungemein. Denn ich hab das Gefühl, dass For Stelka wird uns nicht unbedingt daran hin, um diesen Kampf zu gewinnen. Da ist die Citro-Bere. For Stelka ist verwirrt. Oh. Vor Verwirrung selbst verletzt. Machen wir nochmal Aqua-Welle. Und danach wahrscheinlich zum Schluss eine gute alte Hydro-Pumpe. Vor allem nicht, was das For Stelka sonst noch für Angriffe drauf hat. Aber ich fürchte, das werden wir nicht herausfinden. Natürlich geht die Citro-Kumpel nehmen. Vielleicht finden wir es doch noch heraus. Stachler. Ich mein, ja, okay. Gut. Dann wäre das soweit erledigt. Und das war For Stelka. Ich hatte kurz große Angst vor Cyrus. Aber unser Team ist wenigstens halbwegs ausgeglichen. Und der Sitzbank ist ein sehr defensives Pokémon. Das heißt, er erleichtert unser Leben soweit ungemein. Beeindruckend, dein Können ist bemerkenswert. Das ist es. Danke. Erstaunlich. Durch deine Einstellung, Ältester, habe ich erfahren, was ich wissen wollte. Denn, äh, wenn die Wesen der Zeit und des Raumes zusammengebracht werden, dann sind sie unaufhaltsam. Ah ja. Was für ein äußerst merkwürdiger Mann soll den Unsinn zu verbreiten? Zeit und Raum sind voll Erinnerungen und Gedanken zahlreicher Menschen und Pokémon. Sie ist wunderschön. Warum sollte man sie verändern wollen? Ach ja, ich habe da etwas, das dir vielleicht nützlich sein wird. Das gehört von der Enklin, aber sie braucht das nicht mehr. Yes! Hat ein Pokémon Surfer gelernt, kann es nicht über Gewässer und Meere tragen. Du hast meine große Hilfe und das ist mein Dank dafür. Ich danke dir dafür. Bin ich auf lange auf die VM03 gewartet. Und, äh, sie wird auf jeden Fall gute Dienste erweisen. Uns gute Dienste erweisen. Also, Krokodok lernt Surfer und Sitzbank auch, weil... Warum sollten sie nicht beide Surfer lernen wollen? Muss natürlich fairerweise sagen, dass Surfer natürlich im 2 gegen 2 Kampf nicht mehr so effizient ist, aber... Ich denke, ich bin bereit, dieses kleine Opfer einzugehen. So, äh, hier... Ich möchte gerne einen Angriff verlernen. Und zwar möchte ich gerne die Aquawelle kicken, ehrlich gesagt. Sitzbank, erlernen Surfer. Wuh! Gut. Dann, äh, können wir die Stadt verlassen, nehme ich an. Und, äh, direkt weiter Richtung Westen gehen. Oh, hallo, Cynthia. Du wieder. Oh, war hier alles in Ordnung? Hast du diese merkwürdige Gestalt mit der Team Galaktik-Bombe gesehen? Ah, diese Gestalten von Team Galaktik. Ich dachte, die wären harmlos. Die komische Kleidung, die sie tragen und ihre Willenbehauptungen zur Schaffung eines neuen Universums. Ich hab das immer nur für ein Geschwätz gehalten. Nichts, was man ernst nehmen müsste. Aber sie sind doch eine größere Bedrohung, als ich angenommen hatte. Den Versuch, Pokémon zu monopolisieren, dürfen wir einfach nicht hinnehmen. Übrigens, hat es dir Spaß gemacht, die Ruinen zu erkunden. Falls du interessiert bist, es gibt eine Bibliothek in Fletburg. Sie ist voller uralter Bücher. Dort kannst du die Geschichte von Sinnoh verfolgen. Außerdem könnte sie dir bei der Vervollstellung deines Pokédex behilflich sein. Du gehst langsam schnellst nach Fletburg, wenn du Jubelstadt in westliche Richtung verlässt. Oh, yeah. Ja, wir brauchen wahrscheinlich fliegen an dem Punkt. Geht's hier überhaupt nach Westen? Was geht hier nach Westen? Hm, das sind Citro-Bäre, Labus-Bäre. Nein, ich würde sagen, wir schauen uns hier mal noch eben um. Wo ist die Karte? Eine vernünftige Karte. Eine, auf der ich noch tatsächlich was lesen kann. Gute 211 sollten auf jeden Fall schon gewesen sein. Würde ich einfach mal behaupten. Was gibt's hier sonst noch alles? Schauen wir uns mal um. Ich würde auf jeden Fall noch ein paar Tränen, die ich gerne mitnehmen würde. Und Lachsrauch. Köstlicher Lachsrauch. Aha, ich kann jetzt kaum erwarten und los. Ja, das sind auch nur meine Worte. Wenn ich den Kampf beginne. Aha, ich kann jetzt kaum erwarten und los. Pion Dragi. Ah, Pion Dragi war glaube ich Gift und Unlicht. Das heißt, ein Erdbeben sollte durchaus angemessen sein. Pion Dragi sieht auf dem Sprite super cool aus. Aber wenn man es dann mal in 3D sieht, ist Pion Dragi einfach ein Pokémon, welches komplett in sich zusammenbricht. Das finde ich immer noch schade. Man denkt eigentlich, es ist ein cooles Pokémon. Aber es sieht eigentlich echt dumm aus mit seinem komischen, bubbligen Unterkörper. Aber der Sprite hat sich hier immer gut gemacht, wenn ihr mich fragt. Und das war Pion Dragi. Oh, das sind eine Menge Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte, die ein strammer Max sich verdient hat. Pupitar. Nichts, was ich nicht mit einer gezielten Metallklaue kaputt bekommen sollte. Ich überlege gerade, ob ich die Trainer auf dieser Route nicht schnell durchspulen will, ehrlich gesagt. Weil wir hatten schon in der letzten Route super viele Kämpfe. Hey, die anderen Rüte stehen. Ich denke, das werden wir machen. Und wisst ihr was? Ich denke, ich werde zusätzlich... Pichu. Was ist das für ein belangloser Trainer? Ich denke, ich werde zusätzlich Trashy noch den EP-Teiler geben. Denn wir nähern uns der Range, in der Trashy sich weiterentwickeln kann. Und ich bin sehr bereit dafür. Und ja, das ist jetzt aktuell, denke ich, erstmal mein Ziel. Schauen, dass wir Trashy weiterentwickelt bekommen. Oh mein Gott. Oh, wir haben die TM-Geo-Fissur bekommen. Oh, ich sag's euch. Wenn wir jetzt noch den richtigen Bohrer hätten... Oh mein Gott. Das wäre so gut. Aber wir haben Bohrer ja zu einem Heatran gemacht, das nichts machen kann. Hm. Schade. Okay, wie es aussieht, kann ich hier im Kraterberg ansonsten nicht weiter. Dann hauen wir ab und gehen Richtung Fletburg. Damit meine ich, ich werde schnell rüberfliegen. Also gut. Wir gehen von Jubelstadt aus nach Westen. Und dann surfen wir rüber. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist dramatisch. Ich denke, ich werde gleich noch einen einsetzen, weil... In dem Wasser sollten eigentlich nur relativ... Dann wiederum. Es sollte keine so schwachen Pokémon auf uns warten. Es sollte eigentlich an sich okay sein. Äh, wo will ich hin surfen? Hm. Wir haben hier auf jeden Fall einen Pokémon schon gefangen. Wir gehen erstmal hier hin. Drachenhaut. Okay. Mit der könnten wir Seemon weiterentwickeln, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das wäre halbwegs cool. Aber Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass wir irgendwo einen Seemon herbekommen. Wilde Pokémon auf Level 30. Ich denke, das ist durchaus potenziell, um ein paar Erfahrungspunkte aufzutreiben. Denn wir warten immer noch darauf, dass Trashy sich weiterentwickelt. Und ich sage es euch, wenn Trashy sich erstmal weiterentwickelt hat... Mein Gott. Trashy wird die Welt für uns verändern können. Und ich mag es übrigens nicht, dass ich bisher noch nicht ein einziges Sonder-Momentrum gefunden habe. Ich meine, man würde meinen, dass wir irgendwo einen Seel bekommen oder so, aber... Näh. Das ist einfach nichts. Das ist ein bisschen unangenehm. Die geben so wenige Erfahrungspunkte. Beziehungsweise so wie das selber. Das hat auch echt nicht hohe Stats. So, hier ist wohl der richtige Weg da oben. Aber was wäre dann unten gewesen? Ein Mann des Meeres ist doch ein Mann der Pokémon. Du meinst, er ist ein Mann der Wasser-Pokémon. Ich würde das Ganze jetzt nicht so pauschalisierend sein, dass er generell ein Mann der Pokémon ist. Mann der Wasser-Pokémon? Ja, das kann ich mir vorstellen. Schau euch den Pipi-Sprite an! Ist er nicht bezaubernd? Himmel-Heap! Das ist zu bezaubernd. Das müssen wir direkt ändern. Kann man den Pipi-Wort wirklich angreifen? Ich habe das Gefühl, es hat mehr die Konsistenz von dem Kissen. Das ist so eine Situation, wie wenn der Fried die Plunder versucht, Spawnschub zu verprügeln. Man steht einfach so lange darauf ein und alle Schläge prallen ab, bis man einfach so erschöpft ist, um weiterzumachen. Magneton hat, wie wir natürlich alle wissen, nicht die Fähigkeit Schwebe. Auch wenn man das natürlich gerne denken würde. Das ist, glaube ich... Ich habe das Gefühl, dass eins... Ich will nicht sagen, als der größte Missverständnis bei Pokémon, denn mein Gott, es gibt viele große Missverständnisse. Aber ich bin auch für so lange Zeit davon ausgegangen, dass Magneton Schwebe hat, weil... Und ich bin ein Magnetino natürlich, weil... Ich meine, sie haben eine große Bodenschwäche und Schwebe scheint einfach so sinnig für sie zu sein. Seht ihr den Schatten unter ihnen? Äh, beim Kampf aber... Nein. Keine Schwebe. Und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Oh oh. Ich sehe gerade. Moment. Okay. Schwimmer-Männlich-Pansy wurde besiegt. Okay, ich habe gerade was auf einem anderen zweiten Monitor gesehen, was ich kurz machen musste fürs Protokoll. Lass es rocken, der Rhythmus des Kampfes. Yes. Ich fühle den Rhythmus des Kampfes. Ein Groink. Ah, ein Krokodok ist gerade ein optimaler Gegner gegen Groink. Denn Krokodok kann den Knirsch... Haben wir eigentlich jemals einen Groink trainiert? Weil ich mich gerade... Groink wirkt, glaube ich, wie ein Pokémon, das ich immer, glaube ich, gerne mal trainieren würde. Aber ich habe das Gefühl, dass es echt schlecht ist. Ich habe mir nicht forscht, dass es irgendwas wirklich Gutes kann. Ich würde mich wundern, wenn es nur Psychokinese lernen kann. Ich habe mir gut forscht, dass ein Star-Pokémon ist hier einfach bis zum Ende seiner Level-Tage bei... Oh. Das ist kein guter. Das ist ein bluter Surfer. Zeig ihm, wer das wahre... Starter-Pokémon der ersten beiden Generationen ist. Du legst dich nicht einfach mit dem Krokodok an. Der Krokodok schnappt zurück. Und wenn der Krokodok zurückschnappt, dann bist du besser irgendwo anders. Das würde als Spruch besser funktionieren, wenn es sich gerade... ...Surfer einsetzen würde. Aber okay. Und das war Glurak. Level 34. Und Trashy nähert sich auch langsam mit dem 34. Nicht allzu schnell, aber langsam, aber sicher. Und dann wären noch zwei Angler. So, was? Ich glaube, die will ich noch mitnehmen. Denn gute Erfahrungspunkte, die wir aktuell benötigen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt zu dem anderen da nach oben? Aber er gibt Sinn. Oh, Seidenschal. Oh, Hans. Wenn ich irgendwann dazu komme, dich zu trainieren. Der Seidenschal wird sich gut machen für deinen Doppelschlag. Lombrero. Das ist ein ziemlich angenehmer Gegner für den einzig wahren Krokodok. Der Krokodok macht den Eiszahn. Und Lombrero. Könnte ihn überleben. Sollte ihn überleben, aber wird ihn nicht lange überleben. Klubstall gegen Wasser-Pokémon. Eine denkbar unwünsige Entscheidung. Aber okay. Man würde meinen, es würde er in Pflanzenangriff einsetzen, aber vielleicht hat es auch gar keinen. 498 und Trashy? Wenn Trashy wenigstens weniger Erfahrungspunkte brauchen würde. Das würde mein Leben erleichtern. Okay, Shyman. Was machen wir gegen dich am besten? Ich weiß nicht. Ich glaube, es kann an dem Punkt keine starke Angriffe, aber ich denke, wir lassen das den strammen Max machen. Denn Shyman sollte absolut nichts gegen den strammen Max haben. Zauberblatt! Oh ja, das hatte... Oh Gott, ja, das hat ja ewig nichts anderes als Zauberblatt gelernt. Oh Gott, ich erinnere mich. Wir hatten in der Hardgold-Randomizer-Nazok-Challenge-Shyman. Das Protokoll. Äh, der Ege sammelt sich gut. Ich muss also direkt wieder auswechseln. Vielleicht können wir es mit Giftstachel vergiftet bekommen. Das wäre schon mal ein guter Schritt. Sollte nichts allzu effizientes gegen die Sapfe haben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Sehr vergiftet. Synthese. Oh Gott. Wir müssen es auf jeden Fall versuchen zu vergiftern. Sonst wird das, glaube ich, alles nicht gut gehen. Yes! Zweiter Treffer! Zauberblatt. Sollte aktuell nicht die größte Rolle spielen. Ich hasse es, dass es Egelsamen hat. Das schafft mich aktuell am meisten. Äh, ich denke, es wird wieder Zauberblatt einsetzt. Das heißt, wir müssen definitiv wieder zu strammer Max gehen. Und vielleicht auf Konfusion setzen, damit wir es vielleicht verwirren können. Oh Gott. Das macht auch mal Wachstum. Ist nicht gut. Vor allem, was mich am meisten stört, ist, dass es Synthese kann. Ich glaube, das ist aktuell das größte Problem. Hör auf Egelsamen zu machen! Pfff. Ich denke, ich werde aber bei den strammen Max bleiben, auch wenn es durch Egelsamen mich immer wieder anschwächen wird. Aber die anderen Pokern können nicht so viel Schaden austeilen. Vor allem sollten Gift und Egelsamen sich ungefähr gegenseitig aufheben. Wir brauchen dennoch eine Kumo-Milch. Denn Zauberblatt hat immer eine Volltrefferquote. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Zauberblatt. Na, das macht nicht so viel Schaden, sondern es ist ein Volltreffer. Okay. Ich glaube, das können wir irgendwie hinbekommen. Ich sage es euch, wenn Scheiben statt Zauberblatt in den Angriff hätte, der tatsächlich Schaden austeilt. Ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf überstehen würden. Es kann doch immer noch ein Volltreffer landen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand den überlebt. Oh Gott, das war auch schon wieder so viel Schaden. Oh! Yes! Der stramme Volltreffer! Ich wollte gerade übrigens rauswechseln. 220 Erfahrungspunkte! Wirklich. Wirklich. 220 Erfahrungspunkte dafür. Okay. Ich habe das Gefühl, ich hätte mir ein bisschen mehr verdient, aber okay. Scheinbar sind 220 vollkommen ausreichend. Dafür, dass man Scheiben bezwungen hat, welches fast alle gekillt hätte. Wir haben auf jeden Fall generell noch eine ziemlich große Schwäche gegen Pflanzen-Pokémon. Und das ist nicht gut. Sollten auf jeden Fall schauen, ob wir daran was ändern können. Ein Metacross! Okay, Krokodok. Das ist ein Angler, der viele Pogmon auf Level 30 hat. Das heißt, der sollte uns auf jeden Fall eine Menge Erfahrungspunkte geben. Aber er könnte auch ein gefährlicher Gegner werden. Metacross ist erstmal noch nicht, da es immer noch zu niedrig ist, um wirklich starke Angriffe zu lernen. Eine Problematik, mit der ich anhand von meinem Metacross durchaus vertraut bin. Mein Metacross hat aktuell auch noch große Probleme, Angriffe zu lernen, die für irgendwas gut sind. Ehrlich gesagt. Aber, Level 27 für Trashy. Wir lernen uns das. Oh, ja bitte. Können wir bitte Toxin lernen? Das letzte Kopfschuss kann weg. Muss eigentlich Attacken verlieren an dem Spiel. Vielleicht würde der an irgendeinem Punkt auch mal gar nicht so verkehrt sein. Hypno hat eine hohe Verteidigung und das ist immer ein Grund in den hohen physischen Angriff. Obwohl es glaube ich nicht wirklich physische Psycho-Angriffe gibt. Aber das spielt keine Rolle. Denn der Knirscher war mehr als effizient. Das ist eine gute Sache in Kokodok. Kokodok hat ein Moveset für so ziemlich alle Gegner auf Lager. Es wird einfach mit allen fertig. Das ist ziemlich erfrischend. Dadurch, dass ich super viele coole TMs lernen konnte. Hey. Das war jetzt aber nicht nötig, okay? Einfach mal die Initiative senken. So, als nächstes haben wir ein Tornupto. Oh. Hat man nicht schon mal den Kampf von Impergator gegen Tornupto? Der Kampf ist zurück. Und es ist Sternenschauer gegen Surfer. Ich freue mich, wer diesen Kampf gewinnen wird. Und ich für meinen Teil würde natürlich auf den Sternenschauer setzen. Denn Sternenschauer ist schon sehr gefährlicher Angriff. Und der Surfer hat mit sehr viel Anstrengung gewonnen. Das war nicht mal ein Wettbewerb. Ey. 35 für Krokodok. Und Trashy? Kein Level ab. Und ein Dummiesel. Das ist Ultimative Generation 2 Pokémon. Dummiesel. Du bist ein Surfer. Und dann würde ich sagen, wir haben diesen... Äh. Dummiesel sollte es überleben. Dummiesel ist halbwegs tanky. Groll. Groll fand ich damals immer wirklich dumm. Anzwischen muss ich sagen, ja Groll ist ziemlich hilfreich. Weil man einfach die AP von gegnerischen Angriffen sehr stark senken kann. Damit kann man einige Gegner direkt in eine sehr missliche Lage bringen. Kann ich zwangen. Hab einfach kein Glück. Ja. Das ist äh. Das ist nicht gut für einen Angler. So. Hier muss noch was geben, wenn ich hier entlang surfe. Oh. Ich komm hier raus. Okay. Dann würde ich sagen, betreten wir die Stadt. Hallo. Kenn ich dich? Opinion, ich hab' uns ja lange nicht mehr gesehen. Oh. Das ist wohl der Assistent von Professor. Oh. Sag jetzt nicht, du weißt nicht mehr, wie ich bin. Ich bin Professor Albers Assistent und Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex zu aktualisieren. Und meine Intuition sagte mir, dass ich dich genau hier treffen würde. Gibst du mir bitte kurz deinen Pokédex, der OP männlich? Mal sehen, ich sollte die neue Software voll nach Maß installieren. Klick, klick. So, das war's schon. Dein Pokédex ist auf dem neuesten Stand. Ich sollte dir jetzt wohl erklären, was ich gerade gemacht habe, oder? Du kannst dir nun Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Ja, genau. Und nun lass ich dich wieder in Ruhe, damit du dem Professor weiterhin helfen kannst. Kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Der Professor macht dich Gedanken nach dem, was in Jubelstadt passiert ist. Vielleicht ist das ja ganz unnötig, aber ich muss los. Bis dann. Na, ich bin mir sicher, Team Galactic ist kein Problem, wie sie einfach mit ihren Bomben überall herumlaufen und alles versuchen, in die Luft zu springen, wenn ihnen was nicht gefällt. Ey, ich denke nicht, dass irgendjemand sie im Auge behalten sollte. Und wenn, dann sollte es auf jeden Fall ein kleines Kind machen. Wer sonst sollte mit Bomben legenden Terroristen sich auseinandersetzen? Die Polizei? Ich glaube nicht, dass sie für solche Kavaliersdelikte Zeit haben. Diese beschäftigt um... Ich glaube, es gibt nicht wirklich Polizei in diesem Spiel. Es gibt Generation 2 Polizisten, aber generell sehr dünn gestreut. Komm in Fledburg, der Kanalstadt. In alten Zeiten wurden in diesem Hafen Güter in alle Welt verschifft. Ich glaube, hier gab es auch eine Arena. Ich würde sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen um und dann sind wir... Das ist alles, was wir heute machen. Beim nächsten Mal fangen wir die Arena an. Äh, was meinst du? Bin ich... Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Ich bin der Taktverlerner. Yes! Ich habe gerade eben noch davon geredet. Ich denke, wir werden Zertrümmerer verlernen an dem Punkt. Zertrümmerer sollten wir nicht mehr allzu oft benötigen im Laufe des Spiels. Das Geräusch. Aber auflockern? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch mindestens eine Stelle bekommen werden, wo wir auflockern brauchen. Was passiert? Deine Kleidung sieht so nass aus. Bist du mit dem Boot zur Eiseninsel gefahren, um zu ihr versteckten Maschine zu bekommen? Oh mein Gott. Hallo Trainer, diesmal habe ich gefunden. Es befand sich in einer Fracht aus einem anderen Land. Ich habe dafür keine Verwendung, daher schenke ich es dir. TM48 Du weißt, dass Pokémon ihre individuellen Fähigkeiten haben. Mit der Attacke Werte wechselt, kannst du die Fähigkeiten anwenden, als mit der des Gegners getauscht werden. Ja, 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 ja. Aber was ist TM48 wirklich? Mega Heap. Erstaunlich kräftiger Heap. Moment, wie viel Schaden macht Mega Heap? 80 80, 85 ist jetzt kein Oberhammer. Wäre es bei 60 Schaden, so hätte ich gesagt, ja, das ist für Hans, aber so? Ich weiß nicht. Das ist ein Anton. Ton? Mein Anton und ich stehen uns sehr nahe. Das macht seinen Tag herrückkehr ungeheuer effektiv. Auch Rückkehr, das ist ein Angriff. Zum fliegenden Sinua. Der Text ist verwittert und unlesbar. Hm. Die Tür ist fest verschlossen. Sie lässt sich wohl nicht öffnen. Man würde meinen, das würde auf die meisten Türen zutreffen. Hallo. Ups. Hey, ob ich beendlich. Willst du den Arena-Leiter dort herausfordern? Dann sollst du aber jemanden prüfen, ob du auch dazu bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinem Nagel neuen Orden. Okay. Dann würde ich sagen, wir stellen uns dieser Problematik. Dann machen wir das wohl heute noch. Auf fünf Pokémon. Uh. Wir fangen direkt auf Level 36 an. Okay. Das müsste das, äh, Entwicklungen sind der Zwungenlevel sein. Ich weiß nicht genau, ob es 36 oder 37 ist für das Protokoll. Aber das Randomizer Tool ist da ein bisschen schwabbig. Was sowas angeht. Aber dieser Himmelhieb hat großen Schaden ausgeteilt. Machen wir noch einen. Und Jochen glaubt nicht an Heilung seiner Pokémon. Das ist sehr respektabel, wenn ihr mich fragt. Und das war Biddy fast soweit. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Kampf. Denn das erste Popon war bereits auf Level 36. Ein Wheelie. Ah, Wheelie hat hohe Verteidigung. Das hat wahrscheinlich Pflanzeneinriffe. Aber ich denke, mit Eis sollte ich okay unterwegs sein. Wie viel Schaden macht Eis Zahn? Hervorragend viel. Warum setzt ihr alle Amnesie ein? Wollt ihr irgendwas vergessen oder so? Ist irgendwas... Hat Jochen irgendwas gemacht, worüber ihr nicht mehr reden wollt? Weswegen ihr alle die ganze Neuamnesie einsetzt? Das besorgt mich etwas, ehrlich gesagt. Säure. Nein, das macht nicht viel Schaden. Und... Ich muss nah an, dass wir hier gerade gegen einen Wheelie kämpfen, muss ich sagen. Diese beiden Eis Zähne haben so viel mehr Schaden gemacht, als ich jemals gedacht hätte. Schauen. Und da ist der nächste Eis Zahn. Und das dürfte Wheelie gewesen sein. So weit, so gut. Und ein Maske-Regen. Euer Maske-Regen war sein Starter-Pokémon. Ich erinnere mich hier dran. Ich will sagen, benutze die Gelegenheit direkt, um einen spontanen Tausch an den Tag zu legen. Und zwar kommt die Sitzbank rein. Und Sitzbanks Eisstrahl schreit, er lächst geradezu danach eingesetzt zu werden. Starter-Sporre. Gott! Schau dir mal vor, euer Starter-Pokémon wäre Maske-Regen und du müsstest damit irgendwas anfangen. Das muss deprimierend sein. Para-Heiler. Auf Sitzbank. Denn wenn wir mit der Paralyse weiterkämpfen, wird das alles Jahre dauern. Windstoß. Kann Maske-Regen überhaupt in der Generation brauchbare Angriffe lernen? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich dachte immer, dass Maske-Regen auch kompletter Abfall wäre. Aber es gab ja diesen einen Typen aus Pokémon Sonne und Mond. Pokémon Sonne und Mond, dass Maske-Regen ziemlich stark war. Deswegen ist es wohl nicht komplett verkehrt. Versuchen wir es einfach zu besiegen, wenn ich paralysiert bin. Auch es hat so viele KP. Wenn die Kämpfe ernst werden, dann kennt man immer daran, wenn die Leben nicht mehr schnell sinken, sondern ganz langsam und ruckweise. Ab dann weiß man, dass hier gerade zwei Titanen gegeneinander kämpfen. Auch wenn einer der beiden Titanen etwas mehr Titan ist als der andere, muss ich fairerweise sagen. Oh, das ist halt auch kaum Erfahrungsbruch. Das ist auch Maske-Regen, also was ist erwartet. Okay. Wir fangen an mit dem Para-Heiler. Ja, denn wir brauchen hier jede Runde, die wir haben können. Okay, Palkia. Okay. Es hat bereits einen starken Angriff. Der sehr viel Schaden austeilt. Ich habe nicht wirklich was Effektives gegen Palkia auf der Hand. Wir fangen also an mit einem Konfu-Stra- Oh Gott, das ist schneller als ich. Und ich möchte an dem Punkt nochmal meine Reger erinnern, die bisher nicht allzu oft zur Geltung kamen. Aber ich darf pro Kampf jedes Pokémon nur ein einziges Mal heilen. Der Vergangenheit hat nämlich sonst das Ganze mal dafür gesorgt, dass ich mich durch Kämpfe durchgeprügelt habe, indem ich einfach nur Heilungen gespammt habe. Und das machen wir nicht mehr. Sowas machen wir hier nicht mehr. Ich werde aber natürlich nicht komplett ohne spielen, aber nur eine pro Pokémon. Ich habe das Gefühl, das ist einer der Kämpfe, wo es relevant ist, das wieder anzumerken. Komm schon. Yes! Okay. Sitzbank. Das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Jetzt brauchen wir einen Eisstrahl. Und zwar einen Eisstrahl, der sich gewaschen hat. Es ist nicht mehr verwirrt. Oh Gott. Innerhalb von kürzester Zeit nicht mehr verwirrt. Eisstrahl? Wie viel Schaden macht der Eisstrahl? Nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Nicht so viel, wie er erhofft. Äh, Konfu-Strahl wieder. Und danach ist es Zeit, für Sitzbank ausgewechselt zu werden. Ich denke, ich werde zum strammen Max das Nächste direkt rüber wechseln. Na ja, ich werde einfach schauen, dass er ein paar Erdbeben raushaut. Und wir hoffen auf das Beste. Einfach Damage austeilen. Ohne, dass wir zwangsweise süchtige Drachenklaue direkt sterben. Ich kann nicht sagen, dass ich ja Rosapfel absolut nicht einwechseln kann. Denn Rosapfel würde einfach nur... Rosapfel würde das nicht überleben. Rosapfel würde innerhalb von kürzester Zeit sterben. Komm schon. Oh. Oh, das wollte ich sehen. Erdbeben. Warum ist es schon wieder nicht mehr verwirrt? Es hat Wasserangriffe, okay. Oh Gott, das macht so viel Schaden. Das macht so viel Schaden. Ich frage mich nur, wie werden wir jetzt weitermachen? Äh, ich weiß nicht, was das einsetzen wird. Deswegen wechsle ich zu Krokodok. Und Krokodok wird den finalen Schlag machen. Ich hoffe, es setzt Agfawelle nochmal ein. Okay, sehr schön. Die macht nicht viel Schaden auf Krokodok. Und Krokodok sollte auf jeden Fall in der Lage sein, der in der Drachenklaue zu überleben. Ach, was setze ich jetzt am besten ein? Knirscher oder Himmi? Wir machen Knirscher. Der gute alte Knirscher. Der würde uns nicht im Stich lassen. Oh, yes! So weit, so gut. Ich hoffe, dass du ein Level abbekommst, Trashy. Oh nein, natürlich nicht, Trashy. Okay. Aber ich glaube, Trashy sollte kein so groß Problem sein. Wir haben uns schon früh aus schwierigen Situationen befreit. Trashy sollte nicht das größte Problem darstellen. Es wird wahrscheinlich Wunschtraum können, aber ansonsten nicht unbedingt was allzu gefährliches. Und es ist vom Typ Stahl. Okay, Psychokinesi könnte ziemlich gefährlich sein, wenn wir nicht gerade den strammen Max hätten zugegeben. Ich glaube, unstrammen Max würde jetzt Shirachi uns killen. Psychokinesi ist ein super gefährlicher Angriff. So, und ich kann den strammen Max auf jeden Fall auch noch heilen. Aber wie viel Schaden macht erst mal Erdbeben? Es ist noch nicht zu Ende. Weder ich noch meinen Pokémon haben aufgegeben. Erdbeben, los geht's. Erholung? Ja, wir werden einfach weiter Erdbeben spammen. Darauf hoffen, dass es gut geht. Ich meine, sollte es. Shirachi kann nächste Runde noch nicht aufwachen. Auch wenn man mit der Erholung nicht lange schläft, aber man schläft länger als eine Runde. Ich glaube, ich bin so froh, dass wir die TRM-Erdbeben gefunden haben. Ich glaube, wie dieser Kampf ausgegangen wäre, wenn wir keinen Erdbeben hätten. Ich habe das Gefühl, das Ganze wäre gefährlich geworden. Vor allem, ich hätte Sitzbank nicht mehr wirklich einsetzen können, weil ich sie nicht mehr heilen kann. Und ich will gar nicht drüber nachdenken. Das ist irgendwie nur traurig. Lazy Jochen. Was? Du willst Beweis machen, dass ich verloren habe? Ja, das trotz deiner legendären Pokémon, die du gespammt hast. Ja, ja, dann bist du immer ein kleines bisschen besser als ich. Wie immer. Na und? Aber hör mal. Stell dir vor, es gibt da jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga herausfordern und Champ werden. Ja, richtig geraten. Dieser jemand ist niemand anderes als ich. Was heißt das? Ich soll mir andere Sätze einfallen lassen. Ist ja auch egal. Hey, wieso stattst du nicht der Eisen in seinem Besuch ab? Dort sollst du noch ein bisschen trainieren, bevor du in die Arena stürmst. Also, beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit dein Ohr abzukauen. Sag mal, was ist Jochen eigentlich so unfreundlich geworden? Mach das Smudge, ich bin die ganze Zeit nur abzu... Ja, quatsch mich doch die ganze Zeit an. Mein Trainer hat nicht einmal ein Wort gesagt. Ich muss mir sowas von Jochen nicht anhören, okay? Das geht ja wohl wirklich zu weit. Aber, wir haben gegen Jochen gewonnen, ohne ein Pokémon zu verlieren. Und das war gut, denn... Wenn auch nur Kleinigkeiten bei dem Team anders wären, hätten wir ein großes Problem bekommen mit diesem Kampf. Es hätten nur ein paar günzige Angriffe anders sein müssen. Und es wäre nicht gut ausgegangen. Wie gesagt, allein wenn wir Erdbeben nicht bei Strammer Max hätten. Ich weiß ja nicht ganz, wie die Jirachi gelaufen wäre. Es hat halt einen sehr hohen Spezialengriff und die Psychokinese ist auch wirklich gefährlich. Ich meine, sie war sogar gegen Strammer Max gar nicht mal so ungefährlich. Aber wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir herzlich auf die Eiseninsel und dann werden wir die Arena herausfordern und sehen, wie es laufen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Hallo! Hi. Willkommen zurück. Ich weiß auch nicht, mein Hals war nicht völlig verschleimt. Aber gleichzeitig war da ein bisschen was. Es war nur ein... Das war komisch. Es war... Nein, ich mach's nicht. Ich wollte eine gute alte Hallöche Leute Begrüßung machen, aber ich hab mich dagegen entschieden. Es tut mir leid. Dann würde ich sagen, heute... Wir gehen noch nicht ins Museum beziehungsweise noch nicht in die Bibliothek, die heben wir uns auf nach der Arena. Denn... Oh, wir werden noch gar nicht in die Arena gehen. Wir gehen jetzt noch in die Eiseninsel. Äh, der Leiter und die Trainer dieser Arena gehen auf zur Eiseninsel. Sie trainieren dort und, äh... Sie trainieren dort nicht nur ihre Pokémon, sondern treiben auch selbst Sport. Hm. Das klingt ja nach einer wahnsinnig coolen Insel, mit der wir es da zu tun haben. Bist du die Reporterin? Hallo, ich arbeite hier für Jubelstadt TV. Wie wär's mit deinem schnellen Interview? Ja. Vielen Dank, dass du am besten keine Zeit verlieren. Bitte will deinen liebsten Pokémon-Typ aus der Liste. Oh, mh. Uh, wir haben alle zur Möglichkeit, äh, zur Auswahl. Ah. Ich glaube, aktuell fühle ich mich nach Gestein. Äh, wie gesagt, meine liebsten Pokémon-Typen sind immer entweder Gestein, Stahl oder Boden. Es ist immer die, die festen, kräftigen Typen. Versteht ihr? Kampf mache ich manchmal auch. Das sind, das sind, das sind meine Pokémon-Typen. Oh, das Interview wird bald ausgestrahlt? Cool. Ähm. Bin ich gerade bei ihr nach Hause, äh, zu Hause in ihr Haus gegangen und sie sagt dann, oh ja, ich habe übrigens fürs Fernsehen, kann ich dir nicht eine Frage stellen. Äh. Ähnlich ging es mir, als ich bei Günther ja auch zu Hause mal reingeplatzt bin. Er hat gesagt, ja gut, wenn du jetzt schon mal da bist, können wir ja gleich zur Millionen-Euro-Frage kommen. Und ich habe nicht mal die Fragestellung verstanden. Das heißt, das lief nicht allzu gut, wurde dann im Endeffekt auch nicht ausgestrahlt. Ich werde mal einen Seemann, wie mein Papa. Er ist ein echter Mann unter den Männern. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst, aber Arena-Leiter sein ist auch cool. Adam ist absolut klasse. Er soll es mal Efer kennenlernen. Unser Junge, er hat zu viel Energie. Ich wünsche, er wäre ein bisschen ruhiger. Nein, kannst du ihm bestimmten Medikamente geben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Hot-Take dazu. Ich kenne mich nicht aus, wenn es darum geht, das Protokoll. Deswegen werde ich gar nicht erst weiter darüber reden. Auf jeden Fall. Willst du verreisen? Eiseninsel. Ankerlichten. Oh, das ist eine fantastische Hupe. Ich wünsche, dass ein bisschen Seefahrermusik kommen würde. Das ist jetzt gerade eher ein bisschen... naja, das kann ich mal fast mit der Seefahrt aus Generation 3 mithalten. Es tut mir leid, aber das ist nichts. Die gute alte Eiseninsel. Cool. Da ist bestimmt irgendwann später mal jemand drin, aber irgendwann. Jetzt noch nicht. Oh, bist du der Arenaleiter? Warte, ist das der... Ist das so ein komischer Lucario-Trainer oder so? War das nicht eine Sache? Und du bist almofi-männlich, also ich bin Urs. Ich bin ein Trainer und ja, wir haben schon einige gesagt, dass dieser ein seltsamer Ort für Trainer ist. Naja, jedenfalls ist es immer nett, Leute aus demselben Metier zu treffen. Hier bitte ein Geschenk für dich. Oh, danke. Dankeschön. Danke. Diese versteckte Maschine enthält die Attacke Stärke. Du benötigst den Minenorten der Fleetbox Arena, wenn du sie außerhalb des Kampfes einsetzen möchtest. Ich bin drin trainieren. Du kannst gerne mitmachen, wenn du möchtest. Nein, ja, ich halte jetzt ein bisschen Training. Oh, die Eiseninsel. Hm. Fällt mir gerade ein, die ganze Sache mit verschiedenen Gebieten, wo irgendwie Energie gewonnen wird. Das Gefühl, das kam... Oh, die Scope-Linse. Yes. Ich habe das Konzept, das nach der Kohle-Mine und dem Windkraftwerk nicht mehr ganz aufgegriffen wurde. Ich würde gerne das Atomkraftwerk betreten. Das wäre... Oh, das wäre ein vernünftiges Pokémon-Gebiet. Ah, Scope-Linse. Ich meine, Strammer Max hat kein Item, also gönnen wir ihm das. Ich habe das Gefühl, der wird sich darüber freuen, wenn er an Volltreffer landen kann. Und noch einen. Und dann noch einen. Sehr schön. Wenn Patronen-Hippo Volltreffer-Quote hätte, dann wäre das jetzt ziemlich cool. Oh, wir können Cellars fangen! Yes! Äh, versuchen wir direkt einen Flottball. Ich weiß nicht, wie effizient er hier in der Generation war, aber... holen wir es ja raus. Los geht's, Flottball! Am effizientesten in der ersten Runde übrigens. Deswegen kann man viele Fangversuche einfach direkt mit dem Flottball beginnen und schauen, ob es hinhaut. Und oftmals haut es nicht hin. Alter, ist okay. Cellars können wir danach theoretisch eigentlich auch direkt irgendwann ins Team nehmen und die mal Level abgeben. Und dann sehen Sie, was das kleine Cellars wird. Vielleicht wird es jetzt zu einem Gluter. Aber wahrscheinlich nicht. Das war nicht sehr zu schätzen, dass du gerade Mega-Sauger einsetzt, ehrlich gesagt. So krieg ich dich nämlich noch weiter. Hm. Das ist ja nicht viel KP-Gehalt. Ja, nein. Ich glaube, ich sollte nicht einfach nochmal angreifen. Äh, wer will ein finster Ball? Wir sind ja noch in der dunklen Höhe. Warum sind die Nasenlöcher von Cellars nicht so verschoben? Ich weiß gar nicht, dass ich es sehen. Komm, schauen. Nein! Schau dich die Nasenlöcher an, die sind... Ich weiß nicht. Hat keine Wirkung. Ich glaube, ich habe keine Pflanzpuppe mit Edelsamen anpflanzen. Ist das eine Sache? Ja. 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 Yes! Das war nicht der schwerste Pfannversuch so weit. Ich würde fast sagen, es lief ziemlich einfach. Also, Cellars, was kannst du denn? Ein winzig Laub. Ach so, winzig Laub. Der Panzer auf seinem Rücken besteht aus Erdreich. Bei gesunden Cellars ist der Panzer feucht. Ähm. Ich würde einfach sagen, in Anlehnung an Gluter, der natürlich ein guter war, würde ich sagen. Und Gluter wurde natürlich zu einem Cellcherein. Wenn wir einen Cellars fangen, wird es natürlich ein Blatter. Der gute alte Blatter. Der Blatter ist ein Glatter. Vor allem so ein Panzer. Das ist ein glatter Panzer. Das ist ein glatter Panzer. Von Blatter. Ja, ich weiß auch nicht, ob der Name mich umhaut. Aber ist okay. Wird seinen Zweck erfüllen, denke ich. Und das will ich auf jeden Fall dann auch noch versuchen zu trainieren. Um einfach zu sehen, in was es sich entwickelt. Wir brauchen nämlich genau ein Level ab, um das Wunder der Entwicklung entstehen zu lassen. Oder geschehen zu lassen. Je nachdem. Willst du eigentlich Gigasauger lernen? Ich glaube, das fände ich echt cool. Hat zwar nur 5 AP, aber das ist ein Gigasauger. Das ist Gigas in Ordnung. Durchbruch. Oh, Durchbruch ist so ein cooler Angriff. Durchbruch gibt es ein... Volltreffer. Au! Au! Ich weiß, es ist ein cooler Angriff, aber au! Das war jetzt aber wirklich nicht nötig. Das war ja kein Volltreffer. Okay, danke schön. Für den Nicht-Volltreffer-Zauberblatt. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass Zauberblatt daneben geht, aber Rosapfel hat natürlich alles unter Kontrolle und Rosapfel ist nun fast gestorben. Rosapfels Verteidigung macht mir große Sorgen. Denn die ist nicht so hoch, wie ich mir wünschen würde. Ich würde fast sagen, sie ist sehr niedrig. Aber, geben wir Rosapfel doch mal ein gutes Glas Kuhm und Milch. Da würde es ihm auch wieder besser gehen. Rosapfel hat so wenig KP, lediglich Trashy hat weniger. Und Trashy ist aktuell noch nicht in einer Form, in der es kämpfen kann. Das ist also relativ unvorteilhaft. Ghost Rider, ein Plauder Guy. Ich hoffe, es macht nicht seinen Plauderer-Angriff, wie auch immer heißt. Denn der ist sowas von gebannt. Ich mag es nicht, wie es mich anstarrt. Aber Plauder Guy ist, ich meine, wenn es ein Pokémon gibt, das ich erst das ultimative Pokémon bezeichnen würde, das ich mit einem gewissen Spiel Verbindung bringe, dann würde ich sagen, Plauder Guy ist das ultimative Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel, Zeit und, ich glaube, Dunkelheit Pokémon. Denn es gibt nicht viele andere Situationen, in denen Plauder Guy jemals, auch noch im Entferntesten der Rede wert ist. Es ist ein sehr belangloses Pokémon, aber es hat eine große Rolle in den Mystery Dungeon Teilen. Die größte, die es jemals haben wird. Dazu muss ich fairerweise anmerken, ich habe nicht alle Pokémon-Spiele gespielt. Zum Beispiel die Poké-Park-Reihe ist mir ein absolutes Rätsel. Das heißt, vielleicht sind das Spiele, in denen sich einfach alles so ein Plauder Guy dreht. Das weiß ich nicht. Ich kann es auf jeden Fall nicht ausschließen. Oh, das ist ein starkes wildes Pokémon. Pokémon. Oh, der Imperator, Imperator. Los, Rosapfel. Oh, das gibt Erfahrungspunkte. Zauberblatt. Ja, das ist ein cooles, wildes Pokémon. Das würde ich noch mal fangen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ich meine, es ist ein Imperator. Kann man dazu Nein sagen. Das war ziemlich effizient. Agilität, soll mir recht sein. Moment, das ist eigentlich ja im Unterleib so ein Pfeil. Nein, damit wirkt es auf jeden Fall sehr viel schneller und dynamischer, aber... Warum? Ja, Irgendwärts so. Der Imperator hat übrigens auch super coole Pokémon-Karten. Vor allem die alten Imperator-Karten. Ich würde fast sagen, Imperator ist eines der Pokémon, die coolsten Artworks hat, aber... Viele davon sind auch relativ kostspielig, weil... Wahrscheinlich alle Pokémon-Karten, die älter als zwei Wochen sind. Ich weiß nicht. Ich habe mir vor zwei Wochen ein Booster-Pack gekauft und habe auch eine Karte drin, die sehr teuer ist. Ist okay. Aber das Geräusch mag ich überhaupt nicht. Es gibt auf jeden Fall coole Imperator-Karten. Amopi-Männlich, ich bin froh, dich hier zu sehen. Stört es sich, wenn wir ein Team bilden. Die Pokémon werden immer unruhiger. Okay. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Na ja, ja, doch, doch, das weiß ich zu schätzen. Dann stellen wir uns einem 2-gegen-2-Kampf und so sollten wir auf jeden Fall innerhalb von kürzter Zeit ein paar Formungspunkte abstauben können. Hoch in den Bergen ist ein Kampf ein angemessener Gruß. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen in den Bergen kämpft. Ich meine, die Luft ist dünn und generell, ich weiß, das scheint mir in vieler Hinsicht ein sehr riskant zu sein. Und ein Bibor. Ach. Ein Bibor. Das ist nicht hilfreich. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, Rosapfel ist tot. Okay. Okay. Ja, ähm. Ja. Ja. Äh. Ja, ich mache mir, ich mache, meine Sorgen bezüglich der Verteidigung von Rosapfel waren nicht unbegründet. Sagen wir es so. Richtig, weil ich glaube, ich bin in der Tod sogar bis zum Humor voll, denn es konnte einfach nichts machen. Es ist einfach gestorben. Apropos nichts machen, wie wäre es mit einem Erdbeben? Den Killcounter bekommen wir hoch. Strammer Max, mach dir keine Sorgen. Den Killcounter bekommen wir ordentlich hoch. Und Bibor wird dazu beitragen. Oh, Jelin macht Agilität sehr schön. Ich meine, was war das mit Rosapfel? Das ist halt ein Pokémon, das so wenig Verteidigung hat, ist halt ich dachte nicht, dass es so übel wird. Ich dachte, vielleicht habe ich Rosapfel auch einfach oder Roserade auch einfach verwechselt mit den guten Blumenpflanzen Pokémon aus Generation 5. Der Name mir gar nicht einfällt. Allein gibt es einige, die wirklich gut sind. Und vielleicht habe ich Rosapfel an dem Punkt einfach zu viel Credit dafür gegeben. Oh, was? Er hat nur ein Pokémon. Oh Gott, was habe ich getan? Oh Gott, was habe ich getan? Geh auf das Kripok. Oh nein, jetzt ist 1 gegen 2. Guter Lander hat Blut, das ist nicht gut. Dankeschön, Strammer Max. Oh mein Gott. Okay, Horn-Dieu. Okay, perfekt. Absolut perfekt. Das bedeutet, wir haben ein bisschen Zeit, um zur Sitzbank auszuwechseln, ohne uns zu viele Sorgen machen zu müssen. Ach Gott. Genießen wir die Zeit, solange die Pokémon noch nicht voll entwickelt sind. Das ist übrigens ein Dreamteam hier gerade. Horn-Dieu und Guter Lander. Du schaffst das mal großer. Ich weiß, ob wir vielleicht das lustig gesagt haben. Guter Lander setzt Schutzschild ein. Ja, er schützt sich besser und bereitet Horn-Dieu auf den Angriff vor. Uh, der Fadenschuss. Bitter. Ein bitterer Angriff. Aber warum hat der Typ nur einen Pokémon? Was soll das? Das ist Schwachsinn. Vor allem, weil das eine Pokémon, das hat einen B-Boy. Ich meine, es hat Gift-Heap. Was nicht komplett verkehrt ist, aber ich werde auf jeden Fall kein Erdbeben machen können. Da bin ich mir relativ sicher. Surfer wird auch erstmal wegfallen. Das heißt, ich denke, es wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn ich einfach Sitzbank nach vorn packe. zu zweit Hydro-Pumpe und Eistrahl, weil es zwei Angriffe sind, die nur einen Pokémon treffen. Und ich denke, damit sollten wir so ziemlich auch alle Pokémon-Typen abdecken können im Großen und Ganzen. Surfer. Ich meine, in dem Punkt ist es egal, wenn sowieso schon das B-Boy tot ist. wie sich das B-Boy wohl gefühlt hätte. Wisst ihr, was vielleicht ist besser, dass das B-Boy direkt draufgegangen ist? Stell dir mal vor, es hätte ein Horn-Yu bekämpfen müssen. Das ist nicht schön, wenn man seine eigene Art ausschalten muss. Und Sitzbank hat wieder fast volle Leben. Ah, da kommt noch was. Ein Schwellbini? Okay. Ich denke, damit werde ich auch noch fertig, gerade so. Die gute Sache ist, meine AP und alles sollten aufgehalten werden nach dem Kampf. Ich muss aber daran denken, das ist wichtig, dass ich, komm, schauen, Sitzbank. Ich muss daran denken, dass ich Rosapfel nicht an erster Stelle habe und auch nicht an zweiter. Denn es ist tot, aber ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit, das abzulegen. Oh Gott, das wird nervig. Wird es auch nicht. Okay, alles gut, wir haben es geschafft. Okay. 214, 214, Analyst und, äh, Analyst. Ich liebe es, sündhaft leckerer Zucker. Okay, ich habe mich beruhigt. Was? Was erzählt der von sündhaft leckerem Zucker? Ich, 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 ich habe das Gefühl, er hat seinen Spaß. Darauf können wir uns eigentlich alle einigen. War ja nicht noch ein Trainer irgendwo oder zwei? Zwei Trainer unter Umständen? Oh, oh. Elektroball und Endivier. folgender Vorschlag. Du machst das in Divi und ich kenne das Elektroball. Folgender Vorschlag. Überlebe, Sitzbank. Nein, Sitzbank zu überleben. Das ist ein Elektroball. Volltreffer, das ist, äh, ungünstig. aber Sitzbank steckt, Sitzbank steckt, Sitzbank steckt das weg. Sitzbank hat das nicht so gut weggesteckt, wie ich mir das gewünscht hätte, muss ich sagen. Aber, wir haben es überlebt und jetzt sind wir wieder vollgeheilt. Ich bin sehr froh, dass wir den Typen gerade dabei haben, ehrlich gesagt. Ich würde mir etwas Sorgen machen, wenn er nicht da wäre. Ich zeig dir mit meinen Fäusten auf Gerad, der hat was Angst bedeutet. Dich zu schlagen wäre der 100. Sieg in Folge für mich. Los geht's! Ich hab bisher, ich will auch nicht angeben, aber ich hab bisher auch jeden Kampf gewonnen. Quaxo und Gerardax. Oh ja, wir sind in der vollentwickelt Range. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Gerardax, weil ich gegen Quaxo gerade nicht allzu viel Effizientes hab. Leben Sula. Elektroangriffe machen also nicht mehr viel Schaden. Dramatisch. B-Board macht nicht Agilität. Was soll das denn? Willst du mich beleidigen? Oh, natürlich auf meins. Sitzbank, komm schon. Nein! Oh Gott. Dieses B-Board ist nicht gut. B-Board machen Angriff. Gift-Tieb, dankeschön. Wäre mir zwar lieber, wenn du mit diesem Angriff starten würdest, aber solange du ihn überhaupt einsetzt, bin ich ehrlich gesagt schon ziemlich zufrieden, denn Gift-Tieb ist okay. Gift-Tieb ist schwer in Ordnung. Okay. Eisstrahl. Ich glaube, der reicht nicht für Gerardax. Gerardax ist dann doch etwas sehr, ist eher ein zäher Kamerad. Yeah. So, mal schauen, ob wir noch vor dem Ende von Abgesang gewinnen können. Wenn nicht, werden einfach alle sterben, außer, ähm... Hey, das war, das war mein Gegner. Wenn nicht, werden einfach alle sterben, außer Sitzbank, denn ich werde Sitzbank jetzt sowas von auswechseln. Level 39 für Trashy. Noch drei Level. Hm, das ist, äh... Das ist ein mutiger Move an der Stelle. Dann wiederum, ich habe es das Gefühl, dass Quax wäre einfach nur, dass alle sterben. Das hat das Abgesang gemacht und jetzt Angeberei auf uns bei, dass wir einfach nur einen möglichst großen Schaden anrichten. Und das für alle. Ist ihm egal, auf welcher Seite man steht. Einfach, jeder, der lebt, ist ein Feind von Quax. Okay, wir sind bei der 2. Das heißt, wir haben noch eine Runde. Wir haben schon Bibor. Nein! Oh mein Gott! Oh! Die Sprungfeder! Oh Gott, ich dachte kurz, eins ist das Ende. Mein Herz ist kurz ein bisschen stehen geblieben, aber alles unter Kontrolle. Okay, ich treib mal Max. Bibor, du wirst dich selbst umbringen, oder? Bibor greift an. Und dann, hier von Quax geht daneben. Das war ein dämlicher Kampf. Aber, das sind gute Erfahrungspunkte für Trashy. Entschuldige, das war wohl etwas großmeinig von mir, oder? Wie konnte ich nur verlieren? Das ist mehr als nur ärgerlich. Nee, da würde ich sagen, du fängst direkt wieder bei der 1 an. Ich hätte gerne ein Poké... Das ist ein großes Gebiet hier, kann das sein? Unerwartet, großes Gebiet. Eine Terirobere. Ich liebe Terirobären. Lass mich direkt nochmal im Schutz einsetzen. Sonst werden wir hier nämlich nicht fertig, wenn wir hier durchlaufen. Wenn wir nicht wenigstens uns gegen Pokémon, die vom Level her niedriger sind, schützen können. Da es auch nicht alle sind. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Okay. Oh Gott. Direkt so, direkt so, äh, Strama Max wechseln. Ja, ich hatte da schon so die Vermutung, dass das passieren wird. Ja, ihr kennt euch wenigstens gegenseitig damit. Seizkann. Nein, oh mein Gott, Das andere lebt auch noch. Das heißt, sie können beide Finale einsetzen. Wie viel Schaden macht Finale an, strammer Max? Okay, nicht allzu viel. Und? Wo bleibt der nächste Angriff? Hadesstrahl. Okay. Du machst kein Finale. Okay. Bisschen seltsam jetzt, ehrlich gesagt. Aber okay. Soll es wohl so sein. Wahrscheinlich setzt es nicht ein, weil es gerade ginge. ein Stahl-Pokémon antritt. Dagegen ist der Finale echt nicht die beste Entscheidung. Aber... Diese wilden Lektroball. Die wären auch so gefährlich. Vor allem die beiden jetzt gerade. Das wäre so gefährlich, wenn wir nicht ein Stahl-Pokémon hätten. Und jemand, der uns konstant aufheilt. Das ist ein super gefährliches Gebiet. Mein Gott. Vor allem diese 2 gegen 2 Kämpfe sind sehr riskant. Es kann einfach so schnell ein Pokémon einfach draufgehen. Sie können sich einfach dazu schließen. Ja, wir greifen einfach beide jetzt eins an. Das war's. Man kann nicht viel dagegen machen. Hm... Was machen wir hier am besten? Ich denke, ich beginne mit einer Hydro-Pumpe gegen Sonn-Feel. Bivor, das schnellste Pokémon in der gesamten Runde. Das Bedürfnis der Geschwindigkeit noch weiter zu erhöhen. Das ergibt natürlich sehr viel Sinn. Freut mich, dass du dich dazu entschieden hast. Auch Kosmikraft sieht super cool aus in der Generation. Verteidigung und Spezialverteidigung steigt. Aber steigt sie auch genug, um der Hydro-Pumpe standzuhalten? Ich hoffe doch, die Antwort ist nein. Die Antwort ist ja. Es reicht noch. Au. Au. Oh, das Pinsir ist gefährlich. Hm... Ich hoffe einfach mal darauf, dass... Wissen wir was? Nein, wir gehen auf Sonnen-Feel. Wollte ich ganz sagen. Ich hoffe einfach mal darauf, dass das Beepo was macht mit der Nacht nicht mehr... Naja, ich sollte lieber auch noch selber angreifen. Wenn ein Pokémon tot ist, ist es schon mal besser. Kreuzscherl. Dieses PC hat so gute Angriffe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist super gefährlich. Das ist ein brandgefährliches Pokémon. Ich will wahrscheinlich direkt als nächstes den Kampfangriff einsetzen. Oder die Kreuzschere. Das heißt, wie üblich in solchen Situationen, werde ich mal ganz spontan zu Strammer Max wechseln. Denn ich habe große Angst vor Pinsir. Gift-Tieb? Gift ist neutral auf Käfer. Ha. Käfer ist auch so ein Typ, den man so selten als Monotype sieht. Das ist auch da die Wechselwirkung bei manchen Angriffen wirklich schwer. Einzuschätzen ist. Für mich. Ja, meine Pokémon sind auch ein bisschen zu schwach oben. Oh, ein männliches Vatribi. Ach ja. Das männliche Vatribi ist voll entwickelt. Auch wenn es erst auf Level 33 ist. Ach, jetzt greifst du sofort an, okay? Und Gift ist auch neutral auf Flug. Ja, ich weiß wirklich nicht so viel von Wechselwirkungen, wie ich sollte. Und Herr Trashy, hättest du vielleicht irgendwann demnächst mal das Bedürfnis, unter Umständen, vielleicht, noch ein Level abzubekommen. Das finde ich ganz angenehm. Oh Gott, nein. Oh yeah. Auf Bibor. Okay. Ich hasse dieses Pinsir. Das Pinsir ist brandgefährlich für uns. Ich will nicht mehr gegen wilde Pinsir kämpfen. Wir bekommen Level ab Sitzbank. Yes. Damit sollten wir keine wilden Pokémon mehr oder nicht mehr so viele bekommen. Trash erreicht auch Level. Nachthieb. Nachthieb ist schwer in Ordnung. Kugelblitz. Das ist das Item, welches nur Pikachu was bringt. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Kämpfe gegen die beiden. Es würde einem Pokémon zugutekommen, wenn wir kämpfen würden. Natürlich würden auch meine Pokémon davon profitieren. Jeder hätte etwas davon, weil sonst uns kämpfen. Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort an, an dem man besser als hier trainieren kann? Äh, ja. In der Trainingshalle von Fletburg. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Oh, das wird ein harter Kampf. Ich denke, ich beginne damit, dass ich dann mega ausschalte. Oh nein, warte. Turnupto wird Beaver killen. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Beaver ist so tot. Okay, das, ähm. Antikkraft. Sieht gerade nicht gut aus. Außer der Eisstrahl, äh, One-Shotted, äh, ja, mega. Dann könnte alles wieder besser sein. Schauen. Yes! Sitzbahn! Okay. Wir werden auf jeden Fall jetzt nur auf das Pokémon auf der rechten Seite gehen. Und, äh. Schauen, dass wir möglichst einen Eins-gegen-eins-Kampf hier raus machen. Ein A zu Meryl. A zu Meryl ist in dem Fall sogar ziemlich gut. Wir werden auf das Pokémon auf der linken Seite jetzt doch gehen. Warum ist A zu Meryl gut? Erstens, es sieht, der Sprite sieht absolut fürchterlich aus. Ähm, es ist gut, weil es, es kann eventuell noch walze, aber ansonsten sollte es in Angriff für alle relativ, äh, wasserbezogen sein. Und Risikotecke wahrscheinlich auch. Aber A zu Meryl hat keinen hohen Angriff. Das heißt, A zu Meryl sollte generell, ich glaube generell zu der Zeit von der Generation ist es relativ überschaubar stark. Ihr sollt wahrscheinlich trotzdem auswechseln. Die Sache mit Walzer ist gefährlich. Raikou. Äh, okay. Ich weiß, wen ich einsetzen werde. Zum Glück kam, wer einen strammen Max der Erdbeben drauf hat. Funkensprung. Ich hoffe, es macht nicht so viel Schaden. Das ist gerade eine, äh, sehr gefährliche Kombination an Gegnern. Walzer sollten wir auch noch ganz gut einstecken können. Okay. Schau mal, Max, zeig, was du drauf hast. Wir brauchen deine Stärke. Oh Gott, der Donnerschlag hat auch zu viel Schaden. Schauen. Guten Schaden. Oh, hervorragender Schaden. A zu Meryl ebenfalls. A zu Meryl macht nochmal Walzer. Das ist gut. Ja, los geht's. Erdbeben auf, äh, beide. Oh, komm schon. Glurak, nein! Der Walzer von dem Arzt Meryl muss verschwinden. Ich kann... Oh Gott, ich muss auswechseln, aber... Das Arzt Meryl ist gerade ein großes Problem. Oh Gott. Das Problem ist, ich werde jetzt zu, äh... Kokoduck auswechseln. Aber wenn der Walzer jetzt nochmal so weitergeht... Ich weiß nicht, wie ich das... Was ich machen soll. Der würde mich so viel Schaden machen. Oh, der Zahn ist okay. Geh daneben. Nein! Ah, das mache ich jetzt. Warum geht der Walzer nicht daneben? Ich bin auch niemanden, der ihn jetzt noch überleben kann. Das bringt mir alles nicht wirklich was. Ich denke, ich mache eine Kumomilch und, äh... Ich hoffe, dass der Walzer daneben geht. Ich meine, wir würden ja... Muss ja daneben gehen. Oder nicht? Ich dachte, der Arzt Meryl wird kein Problem. Kurschlag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Arzt Meryl muss so schnell verschwinden, wie nur möglich. Oh Gott. Das war so knapp. Das war so dermaßen knapp. Ich hätte das Arzt Meryl nicht unterschätzen sollen mit seinem Walzer. Das wäre fast absolut schief gegangen. Diese Good Tackle macht eh keinen Schaden, oder? Yeah. Macht wenig Schaden. Okay. Knirsch auf Arzt Meryl. Sehr gut, Lurak! Dammit ist Arzt Meryl besiegt. Okay. Als nächstes ein Panzer E-Wolf. Ich würde so gerne einfach Surfer jetzt einsetzen, aber wir können nicht wirklich. Das Problem ist, wir haben beide neutrale Angriffe gegen Sitzbank, aber Kokodok ist zu geschwächt. Ich kann Kokodok nicht mehr heilen. Okay. Ich denke, wir holen die Sitzbank ein. Nehmen wenig Schaden durch die Angriffe. Richtig. Stattler. Okay. Und dann werde ich Surfer machen, auf das Beste hoffen. Und hauptsächlich hoffe ich darauf, dass das Panzer E-Wolf nicht wirklich Angriffe haben wird. Das wäre nämlich echt gut. Gummimich. Und dann der Surfer. Ich glaube, der Surfer wird leider nicht reichen, um eins von beiden zu besiegen, aber der Surfer wird guter Anfang sein. Feuerzahn. Er macht nicht so viel Schaden. Er macht weiter Stachler, Panzer E-Wolf. Mach weiter Stachler. Das ist okay. Diese ganze Eins-gegen-Zwei-Kampf-Situation ist echt nicht gut. Ich muss wirklich viel besser darauf achten, dass das B-Bow weiterlebt. Ich meine, es hätte in dem Fall so oder so nicht lange gelebt, aber dennoch. Okay. Ich glaube, dass Panzer E-Wolf ist zutiefst verwirrt. Es scheint nicht wirklich irgendwelche Angriffe zu haben. Und das ist das schönste Geschenk, das ich mir hätte wünschen können. Blumang sollte nächste Runde... Ist das die Hells? Sollte die Hälfte sein, oder? Wenn es in den gelben Bereich geht. Diese Dauer-Feuerzahn. Solange wir nicht verbrennen, ist auch alles soweit relativ... Oh Gott! Nicht mit Hals... Oh Gott! Nein, 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 nein. Bitte, bitte keine Stats von mir stark senken. Und schon gar nicht die Verteidigungswerte. Okay. Soweit, so gut, soweit, so gut. Level 33 für Trashy. Ist nicht mehr lange. Nicht mehr lange, bis wir die 34 haben. Brüder Bereich. Ach ja, Reiko war ne Sache. Hatten wir stram am Max schon geheilt? Wenn die Antwort ja ist, habe ich eventuell... ein großes Problem. Ich glaube, wir haben ihn schon einmal geheilt. So, einfach los geht's. Schnallflügel! Oh Gott! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Das lebt! Ich glaube, das war's mit Sitzbank. Ich glaube, das war's. Oh! Ich kann doch nicht mehr auswechseln. Es tut mir leid, Hans. Es tut mir leid, Hans. Es ist nichts gegen dich persönlich. Aber... Weil, da hätte ich Krokodok geheilt. Krokodok hatte ich nicht geheilt, oder? Das ist ja nicht die... Äh, das ist ja was, ich brauche gar nicht schauen. Das Reiko ist schneller als der Krokodok. Ich hoffe einfach, dass Reikos KI vielleicht breakt, oder so. Oder, dass Donnerschock nicht ganz die Hälfte an Schaden macht. Okay, okay. Okay. Das, 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 das weiß ich sehr zu schätzen, dass du dich für diesen Angriff entschieden hast. Es wäre schneller gewesen. Oh mein Gott, dieser Kampf. Äh, und, äh, tut mir leid, Hans. Hans, es tut mir leid. Aber du sollst wissen, dass du für einen guten, guten Zweck gestorben bist. Wir kamen nicht ganz dazu, uns, äh, kennen zu lernen, aber... Wir können noch einen weiteren Tag leben. Und das ist aktuell das Einzige, was, äh... Für uns vor Bedeutung ist. Oh mein Gott, diese Kämpfe hier. Hey, das ist ja kein Spielplatz. Wenn du spielen willst, tritt gegen mich an. Die Leute von der Fleetbook Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Das ist, äh, merkig. Ich nutze diesen Ort gerade auch für mein Training und... Oh, Gott. Okay, die sind noch nicht ganz entwickelt. Diesmal werde ich nicht den Fehler von vorhin wiederholen. Wir machen direkt eine Hydro-Pumpe auf Punita. Nein! Okay. Feuerwirbel macht nicht viel Schaden. Yeah! Warum ist Gift auf alles neutral? Okay. Das war jetzt so gut. Das ist ja auch ein eigener Angriff. Okay. Sehr schön. Das ist okay. Dafür hast du dir eine Hydro-Pumpe verdient. Reicht das, um, äh, Torburger zu killen? Soweit, so gut. Soweit, so gut. Zwei Pokémon down. Wohl Nona. Das ist nicht gut. Magneton. Das ist ja ebenfalls nicht gut. Ah, ich denke, ich muss versuchen, Bibo zu retten. Sofern es sich nicht selbst so für Bibergung verletzt. Schau, eine Sitzbank. Die Hydro-Pumpe muss sitzen. Vivo! Das ist keine Überraschung, was das passiert. Aber Magneton... Oh Gott! Magnetons physischer Angriff sich so gut, oh mein Gott, die Hydro-Pumpe trifft. Oh Gott, dieses Gebiet hier ist gerade so stressig. Ungünstig, aber... Wir sagen, wir machen Eistrahl auf Wohl Nona. Warum Eistrahl auf Wohl Nona, obwohl es nicht wirklich Sinn ergibt? Weil es so oder so draufgehen wird, wenn wir angreifen können. Ernsthaft, Bibo, reiß dich zusammen. Punkensprung ist ja glücklicherweise physisch. Das heißt, er macht ja immer noch nicht allzu viel Schaden. Wir bräuchten echt irgendein Pokémon, das irgendwas gegen Elektro-Pokémon auf der Hand hat. Also, abseits von Strava-Maxa, der war in der Situation gerade auch ungünstig, weil... äh, vom Typ Stahl und Wohl Nona ist ein Feuer-Pokémon. Okay. Auf der rechten Seite noch ein Pokémon-Kill. Danach sind wir zu zweit gegen eins. Und das letzte Pokémon ist Shiggy. Okay, das ist gut. Das heißt, wir können direkt mal auswechseln. Shiggy Level 33. Yeah, mach den Gift-Tip-Bor! Den Gift-Tip-Bor! Okay, das war gut, das war gut. Du hast zwar ein bisschen gebraucht, aber du hast den Endeffekt noch angegriffen. 34 für Trashy. Das wird passieren. Trashy wird sich weiterentwickeln und wir werden sehen, was wir bekommen. Oh mein Gott, wirklich! Ist das... Muss das jetzt sein? Okay, was ist denn? Nein. Ich weigere mich. Wir werden jetzt ein Paraheiler. Habe ich einen Paraheiler? Ich habe einen Laber-Keks. Komm, das ist ein Laber-Keks-Strava-Max! Denn ich möchte diesen Kampf nicht kämpfen, während du paralysiert bist. Ich will B-Bor gerade nicht killen, aber... Vielleicht wird Magnetons auch einfach erledigen. Ich meine, an dem Punkt ist B-Bor quasi tot. Das heißt, ich tue ihm an dem Punkt einfach nur noch gefallen, würde ich sagen. Danke für deine Dienste, B-Bor. Aber die Erde bebt. Sie rüttelt und schüttelt. Es war meine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Wir werden bestimmt nochmal an deiner Seite kämpfen. Okay, noch ein Pokémon. Wer mich nicht alles täuscht. Yes, 35 für Strammer-Max. Ein Kruppow. Ich denke, ich werde einfach weiter. Erdbeben spammen. Erdbeben spammen hat sich bisher eine ziemlich effiziente Taktik herausgestellt. Vor allem bei 2 gegen 2, wenn das B-Bor schon tot ist. Hypnose, wirklich? Ich muss meine Zeit jetzt verschwenden. Wir wollen einen Aufwecker. Die erste Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe. Dass ich auch, wenn mein Pokémon schläft, mich nicht immer durch die Statusveränderung durchkämpfen sollte. Sondern manchmal ist es sinnvoll, wenn man sich einfach versucht zu heilen. Und ich denke, wir sollten damit dann so weiter das gute Kruppow besiegt haben. Und das war das gute Kruppow. Wir haben es besiegt. Nicht ganz so stressig, aber dann noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sowas wird Trashy. Binnen wir es ja raus. Hey. Trashy entwickelt sich. Das ist ziemlich cool. Yes. 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 Die ultimative Form des Trashy. Der ultimative Müllhaufen. Ein Slime-Mog. Oh yes. Mit Slime-Mog sollten wir auch direkt kämpfen können. Und ich kann ihm direkt den Giftschleim wiedergeben. Slime-Mog freut mich wirklich. Ich glaube, Slime-Mog könnte cool sein. Vor allem hat es viel Verteidigung. Was ziemlich gut ist. Äh. Giftschleim. Die Items sollen ausgetauscht werden, bitte. Dann würde ich mir, äh, das Slime-Mog... Ich meine, unser Trashy doch mal gerne im Detail anschauen. Steptechnisch ist es okay, denke ich, von Verteidigungswerten her. Aber, mit was es uns helfen wird, ist es auf jeden Fall Toxin. Und, ähm... Ja, sonst bräuchte ich noch irgendeinen Angriff, mit dem es zuschlagen kann. Irgendeinen Giftangriff. Dann sollen wir doch irgendeine TM haben, oder? Irgendeine lila eine TM. Dunkelklaue? Das ist nicht ganz der richtige Lila-Ton. Befürchte ich. Kreuzschere. Magensäfte. Ja. Säurepanzer. Ha. Ich will nicht wirklich einen Pass in den anderen für, äh... Slime-Mog... Äh, für Trashy. Aber... Trashy wird er in der Lage sein, Toxin auf den Gegner zu machen. Und das wird halt super hilfreich. Ein rosa Brief. Ich würde da noch vielleicht schauen, dass wir, äh... noch irgendeinen Giftangriff... Lass mich mal kurz schauen, was Slime-Mog so an Angriffen lernt, okay? Damit ich mich darauf einstellen kann, wie wir das ungefähr am besten handhaben können. Slime-Mog. Äh, Angriffe... Generation 4. Durch Level-Aufstieg. Es lernt Matschbombe auf Level 36. Okay. Und Matschbombe ist so ziemlich der ultimative Giftangriff, den wir uns wünschen können. Das heißt, das ist ziemlich cool. Können wir ansonsten versuchen mit... Wir versuchen einfach mal mit Trashy zu kämpfen und schauen, was passiert. Was haltet ihr davon? Ich denke, nach all der Zeit hat Trashy sich das verdient. Und natürlich immer schön den Schutz einsetzen, wenn wir nicht sterben wollen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Das ist der Top-Schutz. Da ist er. Und... Die Sanftglocke. Das müsste Sanftglocke Nummer 3 sein. Okay. Und der richtige Weg ist, nochmal außenrum gehen und dann zu dem Team Galaktik grübeln und dann haben wir den richtigen Weg gefunden. Das war der falsche Rückweg. Also wir wollen hier entlang. Puh, dann haben wir gesagt, wir sind ja erstmal soweit fertig heute, wenn wir die beiden gemacht haben. Meine Nerven brauchen erstmal eine Pause. Das war alles sehr stressig. Und es ist noch nicht ganz vorbei. Jetzt verstehe ich, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémons unruhig sind. Es schert mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Miene Probleme macht. Wir sind Team Galaktik, wir nehmen uns den Pokémons, die wir wollen. Ist das nicht so, Partner? Na, du sagst es, Kumpel, genauso machen wir es. Verstaub uns alle Pokémon von der verrosteten Eiseninsel. In Freude und Leid sollt ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, er muss ihm männlich. Diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Das stimmt, den sollten wir nicht verlieren. Oh, sie haben auch sechs Pokémon. Oh Gott. Milotik und ein Pantimos. Ich weiß schon, womit ich anfangen werde. Wir machen Toxin auf Milotik. Das Wundervolle ist, ich glaube, Bivor ist direkt tot. Nein, es lebt. Okay. Giftib auf Bivor, äh, auf Pantimos. Oh, das macht guten Schaden. Sind wir nachher auf einem sehr niedrigen Level. Okay. Gute Neuigkeit, das Milotik wurde toxiniert. Ich wiederhole, Milotik wurde toxiniert. Dann, äh, Nachtheb, schätze ich. Ach ja, ich habe auch eine Psychoschwäche. Meine Spezialverteilung ist ein bisschen besser. Dachte ich. Wie sie rauscht, ist meine Spezialverteilung doch nicht so gut. wie ich zunächst dachte. Oh. Regentanz. Bisschen, äh, gefährlich. Scheiße, sollte ich auswinseln. Oh, ein Volltreffer. Halt dich mal auf mit deinem Giftschleim. Yeah, das Toxin haut richtig rein. Ein Punita. Warum haben die alle Punita? Man, yeah, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um direkt auszuwechseln. Gehen wir zu Krokodok über. Trashy hat gute Vorbereitungsarbeit geleistet. Muss man fairerweise sagen. Oh, ja, Moment, wenn ich von Feuerwehrbe getroffen werde, hätte ich mich gar nicht zurückziehen können. Das blick ich, das jetzt auf Krokodok und nicht auf Trashy. Nass schweift auf Biber und damit ist Biber besiegt. Nicht die größte Überraschung. Minotik sollte nächste Runde vor dem Gift automatisch dahin gerafft werden. Richtig. Ah, es werden noch knapp werden. Toxin braucht immer ein bisschen, bis es losgeht, aber mein Gott, wenn wir erstmal gegen Stärkerling deine Pokémon antreten, dann wird das Toxin noch so hilfreich werden. Kannst du bitte aufhören, Feuerwirbel einzusetzen, denn der macht nicht mal Schaden. Der ist einfach nur nervig. Oh, du willst die Genesungsnummer machen. Okay, Milotik. Okay. Okay. Ich werde dich nicht daran hindern. Ich werde das Gift die ganze Arbeit erledigen lassen. Ich mache mir die Finger für dich, die mich schmutzen. Kuschaden macht Gift inzwischen. Oh. Meditalis. Ich denke, gegen Meditalis mache ich einfach wirklich nirscher. Das schweift es nützlicherweise nicht allzu effizient, weil Koko da vom Typ Wasser ist. Oh, der Tuncrie tut aber weh. Oh Gott, der tut sogar sehr weh. Das Problem ist, ich werde sowohl ein Turmkick als auch ein Nassschweife abbekommen. Das heißt, egal welches Pokémon ich jetzt kämpfen lasse, es wird so oder so nicht optimal sein. Wir machen also mal Kuchen und Milch und der Nächste ohne Stipp dann eben Milotik. Ich mag es nicht, dass Meditalis schneller ist als Krokodok. Das stimmt mich, glaube ich, am meisten. Und Volltreffer, cool. Natürlich nochmal Turmkick. Ich meine, warum sollte es was anderes einsetzen? Muss man fairerweise sagen. Okay. Wenn jetzt Pokémon reingewechselt wird, das nicht gerade einen Wasserangriff hat, der verstärkt wurde, wäre das ganz gut. Taubsi. Oh, Taubsi ist ein hammermäßiges Pokémon hier gerade. Ich würde sagen, wir wechseln zum Strammen Max und der wird das schon erledigen. Der Strammen Max hat alles im Griff. Kraftwelle. Stärker, als ich mir wünschen würde. ehrlich gesagt. Er hat eine Metallklaube. Oh, der Stramme Max ist so schnell. So schnell. Und das war Meditalis. Taubsi, ich weiß, dass du fliegen kannst. Das freut mich auch für dich, aber lass mich in Ruhe. Okay. Wir haben diesen Kampf so weiter auch noch. Ich will nicht sagen, ich habe ihn souverän gemeistert, aber ich lebe. Und, ja, wir haben zwei Pokémon verloren, seit wir hier unten drin sind. Das ist, ich glaube, ich habe bisher noch in keiner Folge zwei Pokémon verloren, aber ich denke trotzdem, dass es, gewössst du daran, wie es hätte ausgehen können, würde ich sagen, nur zwei Pokémon zu verlieren ist okay. Und ja, ich würde in dem Punkt sagen, nur zwei Pokémon. Ich denke, es hätte so viel schlimmer laufen können. Ich bin also a-zu zufrieden mit der Arbeit von euch allen. Ich meine, sogar das Toxin von Trashy hat uns weitergeholfen. Wenn Trashy erstmal die Schlammbombe lernt. Oh, da ist mir fest. Ich würde am liebsten heulen, mein Herz ist gebrochen. Wir sind einfach zu stark. Was für eine Kombination? Aufhören, das reicht. Eure Kombination ist einfach nur krank. Ihr beide und dann eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner? Ach, du sagst es, Skopje. Wir wissen ja nicht mal, wie groß der Plan von Team Galaktik aussieht. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon ein. Nimmst du es an dich? Nee. Ich hoffe, nimm es als Zeichen unserer Freundschaft. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe ein Pokémon-Ei. Ja, danke dir. Da ist kein Platz, um ein weiteres Pokémon aufzunehmen. Also gut, ich warte hier auf dich. Ah ja, okay. Äh, wir schauen mal eben noch runter. Ich denke nicht, dass hier noch ein Kampf kommen wird. Und dann sind wir erstmal fertig für heute mit der gefährlichsten Folge, die wir bisher hatten. Mit relativ viel Abstand. Okay, es geht nach draußen. Und wo komme ich hin, wenn ich da oben entlang gehe? Seetan-Bäre. Mh, die schmeckt nach Seetan. Die schmeckt mir am besten. Hyperball. Mh, okay. Ich denke, da ist irgendein Item von Bedeutung drin. Im regulären Spiel. Vielleicht die M-Schaufler oder sowas. Also jetzt sind wir wieder hier. Kann ich jetzt... Wahrscheinlich werde ich jetzt gegen die Arena antreten können. Würde ich einfach mal behaupten. Okay, los geht's. Wir müssen Trashy jetzt noch ein bisschen mit Toxin durchleveln, bis wir Schlamm-Bombe lernen. Und dann würde ich sagen, ist Trashy bereit, uns zu zeigen, warum es Trashy genannt wird. Also meine Pokémon sind aufgeheilt, oder? Sind sie? Gut, dann würde ich sagen... Oh nein, warte, wir sind noch nicht fertig. Oh Gott, nein. Wir müssen ja noch was machen. Steht noch ein wichtiger Teil der Arbeit bevor. Und zwar haben wir ein paar Pokémon verloren, während wir auf der einzelnen Insel waren. Rosapfel. Ich würde gerne sagen, dass es mir leid tut, aber du musst, wenn du, wenn du, wenn du Mitglied im Team einer Nasok-Challenge sein, willst, dann musst du einfach auch Anriffe einstecken können. So einfach funktioniert es. Das heißt, es tut mir leid. Und der Hans? Ich hätte dich gerne trainiert, aber es sollte nicht so sein. Es sollte nicht so sein. Und dann würde ich sagen, wie das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Platin, wo wir uns die Arena stellen werden. Und wir werden Chalas ins Team nehmen und sehen, so was das wird. Das aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Hallo! Und willkommen zurück zu Pokémon Platin in der Randomizer Nasok-Challenge. Beim letzten Mal hatten wir viele 2 gegen 2 Kämpfe und das lief nicht so gut. Heute überlegen wir, wie wir unser Team am besten gestalten könnten. Ich würde sagen, wir packen auf jeden Fall den guten Blatter mal rein und werden Blatter weiterentwickeln, wofür er genau ein Level abbraucht. Und danach mal schauen. Wir machen das jetzt auf jeden Fall erst mal. und dann wiederum ich sollte... Das könnte vielleicht ein Fehler sein, aber ich glaube, ich werde Schnäblein mit ins Team packen. Oder wollen wir Borat zurückholen? Wer hat mehr Verteidigung? Eindeutig Schnäblein. Wir holen Schnäblein mit zurück. Warum machen wir das? Damit ich es für den Fall der Fälle einwechseln kann, um was zu heilen. Es gibt keinen Grund, den Slot leer zu lassen. Es könnte Leben und Tod von dem eigentlichen Team auf dem Spiel stehen. Oh, und natürlich muss ich Shell Ass dem guten Blatter muss ich natürlich den Epithaler geben. Denn er sollte sein Level ab relativ schnell erreichen. Und dann sehen wir jetzt, so was das wird und vielleicht wird Blatter seinen Weg in unser Team finden. Fangen wir jetzt mit der Arena an, in die ich jetzt inzwischen reingehen können sollte. Ich habe mich als Freund nicht versucht, aber ich denke, es ging vorhin nicht. Stahl repräsentiert deinen zügellosen Geist. Akzeptierst du das? Scheitern nicht? Wird dir der Pfad zum Sieg offengelegt? Okay. Ein Impergator. Ich würde sagen, Trashy wird mit Impergator fertig, ehrlich gesagt. Zuerst beginnen wir den Kampf mit Toxin. Logischerweise. Und der Rest wird sich dann wie von selbst erledigen. Ich mag es nicht, wie die Hand aussieht von Trashy hier gerade. Aber ich bin so stolz darauf, dass Trashy von Zick-Zack zu einem Skunker-Poot dann zu einem Slimer-Quote. Der Müllfaktor wurde einfach von Entwicklung zu Entwicklung stärker. Nachthieb. Warum setzt du noch Dresch-Pflege ein? Ist echt kein so effizienter Angriff. Dann wiederum wird der effizienter, der je geschwächter Impergator ist. Sollte ich glaube ich Schlitzer einsetzen. Schlitzer hat wenigstens eine hohe Volltreffer-Quote. Ja, der gute alte Gift-Schleim. Der heilt uns auf. Agilität von einem Pokémon ist sowieso schon schneller als ich jetzt. Das ist vollkommen okay. Und Trashy ist fast Nimmel 35. Oh, yes. Und nach der 35 kommt die 36. Und bei der 36 kommt die Schlammbombe. Und das ist der Angriff, den wir sehen wollen. Dresch-Pflege macht inzwischen ein bisschen mehr Schaden. Sehe es, der Dresch-Pflege-Grind, der lohnt sich. Lass sich da nichts einreden. Hat ein bisschen gedauert, aber Trashy hat den Kampf gewonnen. Das sind so viele Erfrauenspunkte. Voll immer bedenkt, dass wir den E-P-Tiler noch anhaben. Ranger Joey. Ich habe ja die aufgegeben, aber irgendwas anderes, dass ich gerade zu schnell weggeklickt habe. Also wenn ich einfach schnell jetzt Citroberda einsetze, um uns zu heilen. Na, ich will einsetzen. Okay. Hat 31 KP aufgehört. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist eigentlich ein Wunder-Bär-Ref. Ja, in Arena gibt es nicht nur darum zu sehen, wie stark die den Pokémon sind. Es ist so viel mehr ein Test seiner ganzen Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ehrlich gesagt. Aber okay. Das ist ein Test meiner gesamten Persönlichkeit, wenn ich jemals einen vor mir gesehen habe. Trashy? Wir sind noch nicht lange zurück im Team, aber ich würde sagen... Oh mein Gott, zeig, was du drauf hast. Wow. Das Toxin ist gelegt. Und damit ist Trashys Teil der Arbeit erledigt. Danke, Trashy. Ich würde dich weiter drin lassen, wenn der Feuersturm nicht dermaßen viel Schaden machen würde. Fürs Protokoll. Aber der Feuersturm macht leider dermaßen viel Schaden, deswegen würde ich mich doch etwas wohler dabei fühlen, wenn Coco das Rudab jetzt übernimmt. Aber Trashy hat Vorbereitungsarbeit geleistet. Und ich möchte, dass wir das nicht unterschätzen, okay? Das Toxin ist wichtig. Vor allem für längere Kämpfe gegen stärkere Pokémon. Auch wenn ich glaube, dass ich mit Surfer jetzt auch relativ gute Arbeit leisten sollte, aber wir werden sehen. Und wie viel macht Surfer? Ja, okay. Surfer macht eine gute Hälfte. Aber dennoch, man weiß nicht, was das... Da ist die Genesung, seht ihr? Seht ihr? Und wie werden wir jetzt den Kampf gewinnen, obwohl es Genesung eingesetzt hat? Richtig, durch Toxin. Toxin wird uns den Sieg bringen. Aber ja, die Pokémon fangen langsam an, zum einen voll entwickelt zu sein und zum anderen gefährliche Anriffe zu lernen. Ab jetzt wird das Ganze langsam gefährlich. Okay, es hat überlebt. Streng genommen. Ich möchte mir trotzdem mein Toxin nicht schlecht drehen lassen, okay? Toxin ist nämlich so ein spaßiger Angriff. Er braucht immer ein bisschen. Diese Attacke war niederschmetternd. Die Attacke war sehr niederschmetternd. Ich würde sagen, wir gehen mal eben wieder ins Pokémon Center, um meine Pokémon zu heilen. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Und dann ist Trashy ganz kurz davor gut zu werden. Und Trashy ist schon jetzt ziemlich akzeptabel, wenn ihr mich fragt. Okay. Wir kommen zurück in die Arena. Äh. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier entlang gehen muss, aber wir finden das raus. Die Aufzüge fahren hoch und runter. Ich? Ich kämpfe gerne. Achso. Das hat natürlich mit den anderen Dingen zu tun. Gut, dass du angemerkt hast, dass du gerne kämpfst. Das Seemops sollten wir auch... Nein. Egal. Ich wollte gerade sagen, das Seemops sollte ich eigentlich auch ohne Toxin besiegt bekommen, aber... Es gibt wohl nichts, was gegen Toxin spricht. Auch Frostbeule. Das kann gefährlich werden. Jede Runde doppelt so viel Schaden. Und kann Frostbeule nicht sogar einfrieren? Ich glaube nicht, aber... Wer weiß das schon? Vielleicht ja doch. Vielleicht entscheidet sich die Frostbeule doch dazu, es einzufrieren. Was mache ich dann? Ganz recht. Nichts mache ich dann. Und Schlitzer. Damit täpfen wir Seemops besiegt, was so gut wie keine Erfahrungspunkte gibt. Richtig. Komm schon, Platter. Du brauchst Level ab, Platter. Starmie. Starmie ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Das müsste nicht Psycho-Angriffe drauf haben und ehrlich gesagt habe ich da ein bisschen Angst vor und wir ziehen uns besser zurück. Das kann auch Sternenschauer machen. Das ist natürlich nicht ganz so gefährlich, aber wir vertrauen dem ganz mal einfach nicht. Erdbeben. So wie jedes Mal. gegen jeden einzelnen Gegner. Bis Strammer Max sich dazu entscheidet, auch mal einen anderen starken Angriff zu lernen. Ja, es hat die Erdbeben nicht mal wirklich gelernt. Es war mehr über eine TM, aber wir werden so lange weiter Erdbeben machen, bis du was Besseres lernst. Und ich glaube, dafür brauchen wir Kometenhieb und Psychokinese. Das ist so der Stoff, den ich mir wünsche von dem Strammen Max und früher oder später werden wir es auch bekommen. Ich glaube, auf Level 42 oder 45 sollte er sich offiziell Meter zu Metagross entwickeln. Das heißt, an dem Punkt sollten wir dann den Kometenhieb lernen. Und da ist das Level Up für Blatter. Ein Pixi. Du musst sterben. Okay. Oh nein! Es geht wieder los. Der ewige Kreislauf. Er geht also weiter. Pixi wird so lange Metronomen einsetzen, bis irgendwann eine Explosion rauskommt. Wird es diesmal der Fall sein? Es kann auch einfach Gesang machen, wie es aussieht. Sie weiß, wir werden aber noch weiter drin bleiben, weil ich will sehen, was beim Metronomen vielleicht sonst auch für Angriffe kommen könnten. Das ist immer wieder unterhaltsam. Mach Metronomen. Oh Gott, warum habe ich sie einfach gleich gekillt? Okay, wir gehen direkt auf Erdbeben über. Duplexi. Ich erinnere mich, den hatte unser gutes altes Oh Shit S damals auch. Das waren Zeiten, aber sie ist eigentlich jeweils gestorben. Ich glaube schon, oder? Ich meine, das hatten wir im Late Game nicht mehr dabei, aber ist auch generell die wirklich innen. Das war mehr ein Gimmick als ein gutes Pokémon. Großer Gott. Wenn dieses Pixel vom Level her höher als Tramomax gewesen wäre, hätte es eventuell uns mit Eiseskälte nie richtig gekillt. Und kannst du bitte aufwachen? Dankeschön. Denkt man ein einziges Mal yeah, ist okay. Es wird schon von selber aufwachen. Schauen wir uns das Pixie mal ab. Und Metacross schläft und schläft und schläft und weigert sich aufzustehen. Hau der Knopf mal ran. Vielleicht sollte ich auch für dieses Pixie so sehr zu unterschätzen. Es hat nämlich gerade fast der strammer Max gekillt. Ich lache, aber es war sehr besorgniserregend. Vor allem hat es noch zweimal Komprimator eingesetzt. Es wird also auch echt nervig zu trefften sein. Schutztausch. Deutet das sicher mit dem Fluchtwert? Oh nein, Verteilung und Spezialverteilung wird getauscht. Das Gefühl, Erdbeben trifft auch dann, wenn ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sache ist, aber ich habe das Gefühl, Erdbeben trifft auch da noch ziemlich gut, wenn der Fluchtwert erhöht wurde. Aber ich kann das auch nur einreden. Aber gut, was wird unser Cellast? Blatter, was wirst du? Ich hoffe, ein Glurak. Oh, Nidoqueen? Oh, das ist so cool. Gleichzeitig so nutzlos. Wir haben schon Gifttypen. Und Nidoqueen hat keine guten Angriffe, das wird ziemlich cool an sich. Ist nur leider nicht so hilfreich. Aber hey, wir haben gesehen, zu was unser guter Blatter wurde. Dann würde ich sagen, nächster Kampf und wir hoffen, dass der gute Trashy sein nächstes Level abbekommt und dann ist Schlammbombenzeit. Äh, ja, okay. Ich hätte mir vielleicht auch mal merken können, wo welcher Fahrstuhl hinfährt, aber wir hatten Zeit für sowas, versteht ihr? Okay, hier will ich hin. Yes! Hallo! Ein Ass hat Wissen und Erfahrung, um auf hohem Niveau zu kämpfen. Ich zeige dir, was das für ein Anfänger wie dich bedeutet. Was bedeutet, dass ich bin ein Anfänger wie mich? Wenn ein Ass gegen mich kämpfen möchte. Krawumms! Level 40! Toxin. Oh, der Stampfer wird wehtun. Das gefällt mir nicht. So, wir noch mal Toxin. Super Schall. Ich meine, es ist Krawumms. Ergibt Sinn, dass es Schallangriffe hat. Komm schon, Trashy. Yes! Trashy hat immer den Angriff, den wir uns wünschen auf Lager. Mal schauen, ob Trashy diesen Kampf gewinnen kann. Wäre natürlich ganz gut, wenn es nicht mehr verwirrt wäre, aber okay, es ist an der Zeit, uns zurückzuziehen. Nach dem Kreideschrei wird die Sache leider üblicherweise sehr gefährlich. Und mit üblicherweise meine ich immer und enorm gefährlich. Der Stampfer könnte, ich glaube, wenn jetzt der Stampfer trifft, wird Trashy noch drei KP übrig haben oder so. es ist brandgefährlich. Superschall geht daneben, will ich auch hoffen. Toxin leistet schon jetzt gute Arbeit. Konfusion! Ich muss echt guten Angriff lernen, strammer Max. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Superschall geht wieder daneben. Ich glaube, es dürfte es gewesen sein. Jep! Gut, das halt das Toxin dauert ein bisschen, aber dafür ist es die Wartezeit wert, wenn ihr mich fragt. Wow, ich bin in der Stimmung ein Schlaflied zu singen. Ja, das kenne ich. Manchmal ist man einfach eine Stimmung dafür ein Schlaflied zu singen. Warum war der eine Fahrstuhl mehr eine Seilbahn oder so? Da ist noch ein Trainer. Die Arena ist generell ziemlich verworren. Pokémon und Menschen arbeiten seit vier Jahren zusammen. Wir geben dir gerne eine Kostprobe dieser Zusammenarbeit. Dann lass mich mal eine Kostprobe miterleben. Zwei Pokémon, das heißt, sie sollten nicht so hoch gelevelt sein. Oh, Tengulist. Trashy, wenn du das Tengulist alleine besiegst. Okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Aber wenn du es alleine besiegst, dann bekommst du ein Level ab und dann auch deinen guten Angriff. Bist du bereit dafür? Warum hat Tengulist eigentlich so strahlendweiße Zähne? Warum hat es überhaupt menschliche Zähne? Tengulist ist ein seltsames Pokémon. Es hat auch Holzschuhe. Schlitzer. Finte ist kein Spezialangriff. Dementsprechend kann ich damit ziemlich gut leben. Finte sollte kein Spezialangriff sein. Ich glaube, Tengulist macht einfach nur generell wirklich viel Schaden. Was sehr beruhigend ist. Wer es Spezialangriff hat, dann sollte er auf jeden Fall vom Typ Pflanze sein. Nochmal Renkelspiel. Normalerweise werden Pokémon zweimal Renkelspiel einsetzt. ist natürlich äußerst äußerst beängstigend. Aber in dem Fall es ist äußerst tot. Und Level 36 für Trashy. Wie sind die Stats? Angriff plus 3. Der Spezialangriff von Trashy ist überhaupt nicht gut sehe ich gerade. Oh, warte, Nachthieb hat auch eine hohe Volltrefferquote. Dann packen wir Schlitzer weg. Hm. Hm. Glaubst du nicht auch irgendeinen Giftangriff, der mir Schaden macht, wenn der Gegner vergiftet ist? Ich glaube, es war Gift-Tieb. Schauen wir, was wir da noch bekommen können. Also. Wir fangen mit Toxin an. Bodyguard schützt nicht vor... Oh, doch, es schützt davor. Es schützt vor dem Gift. Aber das ist doch meine Taktik, Wulnona. Das war meine Taktik, Matchbombe. Wie viel Schaden. Akzeptabel. Absolut akzeptabel viel Damage, wenn ihr mich fragt. Vor allem gemessen an, dass der Spezialantriff von Trashy nicht unbedingt der Oberhammer ist. Matchbombe ist einfach schwer in Ordnung als andere. Und Trashy kann inzwischen für sich selbst kämpfen. Es braucht keine Unterstützung mehr von irgendjemandem. Und ist das nicht das schönste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können? Dass unser kleiner Trashy auf eigenen Schleimbeiden stehen kann? Ich meine, es riecht echt übel. Es ist wirklich... Es hat sich so wenig gewaschen, dass sein Schmutz, der sich um ihn herum gesammelt hat, ein neuer Körper wurde. Aber dafür ist der neue Körper auch wirklich stark. Eine spektakuläre Niederlage. Leider bleibt es trotzdem an der Niederlage. Ja, das stimmt. Soll ich mal kurz genauer nachschauen. Hilft wilde Pokémon-Fernzuhal mit der Duftnote? Gegner wird mit dreckigem Schlamm beworfen und dabei eventuell vergiftet. Okay. Das hat also keinen Vorteil von wegen, oh, macht mehr Scham, wenn der Gegner vergiftet ist. Wow! Wir attackieren mit schwer zu konternden Judo-Griffen. Oh nein, willst du mich auf den Boden werfen? Das ist, wenn ich ja... Oh nein! Was soll ich nur tun? Oh nein, ein Sonnflora! Ich hoffe, Sonnflora wird keiner der gefährlichen Judelgriffe auf mich anwenden. Matschbombe! Wird Sonnflora überleben? Es überlebt knapp. Aber es überlebt so knapp, dass es an dem Punkt auch einfach nicht überleben hätte können. Kugelsaat. Macht so gut wie keinen Schaden. Auf jeden Fall, ähm, ziemlich beeindruckende Leistung Sonnflora wie üblich. Sehr, sehr beeindruckend. Nachthieb! Okay. So weit, so gut. Wenn das nächste Pokémon nicht vom Typ Stahl sein wird, dann sollte ein Level-Up für Trashy drin sein. Pixie! Erneut! Also, wir beginnen mit Toxin. Wir beginnen mit Toxin, habe ich gesagt. Rückentzug. Oh, oh. Kein Rückzug mehr möglich. Ich hoffe, es wird kein Abgesang eingesetzt. Das wäre ein bisschen ungünstig. Also, besser wirklich. Trashy! Oh, wirklich? Das ist jetzt der eine Gegner, bei dem Zäumeltoxin daneben geht. Trashy ist aber schneller als Pixie. Das heißt, die Großlinse, äh, die Zoom-Linse wäre keine gute Idee. Ja, wir wollen sowieso bei dem Gift-Dingens bleiben, aber dennoch. Dann machen wir den Aufwecker, denn wir haben nicht ewig Zeit. Die Lektion habe ich gelernt. Komprimator. Komprimator senkt meine Treffer wahrscheinlich mit Toxin noch weiter, aber ich werde nicht aufgeben. Ha! Ich wusste, dass es trifft. und jetzt heißt es zurücklehnen und, äh, abwarten, bis Pixie drauf geht. Denn es wurde schwer vergiftet. Und wer schwer vergiftet ist, der wird sich nicht so einfach davon erholen. Blättertanz. Seht ihr, das ist der Angriff, den, äh, Rosapfel hätte lernen sollen. Wahrscheinlich auch früher oder später. Oder war Blättertanz physisch? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Es gab nämlich, glaube ich, auch Blütentanz oder so. Äh, Nachtieb. Versuche mal ein paar AP zu sparen. Ich habe das Gefühl, meine Trefferquote ist, warte mal, ach so, Blättertanz ist, ah yeah, da geht man mehrere Runden. Was in dem Fall ein Geschenk ist für uns, denn der Angriff macht so gut wie keinen Schaden. Und das Gift wird stärker. Und bis ich es vor Verschöpfung verwirrt nach zwei Angriffen. Kommen wir in Volltreffer? Oh, wir bekommen eine. Okay, der Kampf ist gelaufen. Egal, wie oft du dich komprimierst, die Vergiftung ist kurz davor, dein Herz zu erreichen. Wenn es erst mal dort ist, gibt es kein Zurück mehr. Oh, und das war Pixie. 1021. Das reicht nicht ganz für ein Level ab, aber knapp. es hat fast gereicht. Ich fahre hier runter und dann fahre ich hier hoch und dann hier runter und da ist noch ein Trainer. Ich denke, man sollte wir langsam zum Arenaleiter kommen. wenn du dich nur auf einen Typ konzentrierst, erkennst du wirklich die Stärke und Schwächen eines Pokémon. Ich meine, sollte man im Idealfall auch so erkennen, aber ich denke, ich weiß den grundlegenden Sinn, hinter der Aussage zu schätzen. Prudox Waff selber vom Typ Gift und es hat Psycho-Angriffe. Es hat auch einen miserablen Spezialangriff. Psychstrahl. Ich glaube, das kann ich mal Psychokinese lernen. Ja, das ist... Komm schon, Trashy. Kreiß dich zusammen. Sie können sich einfach verwirrt sein von dem dummen Psychstrahl. Aber ja, es macht nicht viel Schaden. Schau und greife an. Oh, Trashy lässt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Ihr denkt vielleicht, dass es das macht, aber es tut es nicht. Lichtschild. Das ist ein bisschen nervig. Aber Trashy ist wieder fast komplett aufgeheilt. Und es ist nicht mehr verwirrt. Wie gesagt, es lässt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Und das war Pudox. Level 37 für Trashy. Das haben wir uns verdient. Ich wünsche, dass dein Spezialangriff etwas mehr steigen würde, aber ich denke, dass es mit Toxin sollte, das würde ich so weit ausgleichen. Metacross. Kein optimaler Gegner von den Gifttypen. Ich denke, ich werde meinen Metacross dagegen einsetzen. Tatsache, dass gerade Lichtschild aktiv ist, sorgt nämlich dafür, dass meine Spezialangriffe allesamt gar nicht mal so stark sein werden. Und mein strammer Max hat den Vorteil, dass er einen Erdbeben beherrscht. Und dieses Erdbeben ist der eine Angriff, der den gesamten Run ungefähr fünfmal in Folge gerettet hat oder so. Ohne dieses Erdbeben wären wir wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ich meine, den Kampf hätte ich auch ohne überstanden, aber es wäre nervig gewesen. Und ein Tornupto. Ein äußerst ungünstiges Pokémon, um ein Stahl-Pokémon dagegen einzusetzen. Gehen wir also auf Krokodok und haben schon wieder den Kampf von Tornupto. Wir haben bisher noch nicht ein Megadier gesehen, aber Krokodok gegen Tornupto. Warum kannst du noch ein Igler? Das ist ein Kampf, den wir jetzt schon so oft gesehen haben. Das ist wirklich mindestens das dritte Mal. Warum setzt du die ganze Zeit einen Igler ein? Hör auf damit. Ich weiß, dass du auf dem Igel basierst, aber das ist dämlich. Hör auf damit. Das ist einfach nur ein dummer Angriff. Und ja, das ist der Kampf ist auch schon wieder Ich würde jetzt so gerne wissen, was das Hufste von diesem Tornupto ist. Ich würde schätzen, dass es Glut und Einigler kann oder sowas. Das war wirklich absolut nichts. Level 36 für den strammen Max. Oh yes! Oh, Psychokinese. weg mit Konfusion. Oh, Stramar Max ist bereit Damage auszuteilen. Mein Blickfeld war zu eingeschränkt. Ja, ich denke, das kann man so sagen. So, dann würde ich sagen, Sitzbahn. Es ist an der Zeit für dich mal wieder ein bisschen zu kämpfen. Ist vom Level her ein bisschen abgefallen. Okay, hier ist der Arena-Leiter. Ich würde also gerne erstmal noch zurück gehen und meine Pokémon heilen, denn ich habe das Gefühl, ich will gegen ihn nicht angeschwächt sein. Der Fahrstuhl wird wahrscheinlich verschwinden, wenn wir wieder hereingehen, aber das ist vollkommen okay. Puh. Das lief soweit in Arena ziemlich gut, würde ich sagen. Wir hatten nicht allzu viele Probleme. Dann würde ich sagen, wir hatten null Probleme und ich bin zufrieden. Ich weiß nicht ganz, als würden wir in unser Team am besten packen könnten, aber die vier Pokémon, die wir soweit haben, die sind gut. Also, ist der Fahrstuhl? Nein, der ist nicht da. Das heißt, ich muss wieder so meinen Weg hochfinden. Das sollte ich hinbekommen, aber es ist trotzdem wirklich nervig. Aber okay. Das schaffen wir. ist nicht die erste Arena, die ich zurückgehen muss. Wir haben am nervigsten immer noch die Arena, wo man das Wasser ein- und auslassen muss. Das ist der falsche Weg. Man würde meinen, ich hätte meine Lektion gelernt, als ich beim ersten einen richtigen Weg gegangen bin, aber diese Einschätzung wäre gänzlich falsch. Äh, nein! Hierhin? Ja, 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 okay, wir sind so gut wie da. Pokémon an meiner ersten Stelle ist gerade, Sitzbank, ich denke, das ist okay. Ah, das ist der Ordnung von Erzelingen. Verstehe, verstehe, du hast meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Du musst schließlich noch viel lernen und im Gegensatz zur Welt, äh, zum Veit, bin ich eine wirklich Herausforderung für dich. Bist der Vater von Veit? Stacy? Okay, Stacy. Ace Trainer Stacy. Wir beginnen mit Lepumentas, das ist ein hervorragender Gegner für Sitzbank, ehrlich gesagt. Eisstrahl! Der Krafttrick, was ist Krafttrick? Lepumentas steiger, äh, tauscht Angriff und Verteidigung. Oh, das ist gefährlich. Warte, das gefällt mir überhaupt nicht. Was machst du jetzt? Hyperstrahl, ausgerechnet. Wie viel Schaden macht der? Oh. Warte, ist Hyperstrahl ein spezieller Angriff? Das war, ähm, enorm schwach. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, aber, das ist okay. Ich meine, keine Vorwürfe für Lepumentas. Lelian! Das ist ebenfalls ein Pokémon, welches den Kampf nicht für dich entscheiden wird, Stacy. Auch wenn es Tempo-Heap hat, was ich nicht mag, aber, Lelian ist echt ein schlechtes Pokémon. Ich wünsche, Lelian hätte eine Weiterentwicklung, ehrlich gesagt. Ich meine das Konzept von diesen Boxen im Marienkäfer, aber irgendwie, irgendwie kam es stärketechnisch nie so ganz zusammen. Ja, das ist vollkommen okay. Denn in dem Fall profitiere ich ganz ungemein davon, dass daraus nichts wurde. Okay, letztes Pokémon. Warum hat der eigentlich überhaupt noch drei Pokémon? Scheint ein bisschen wenig zu sein. Und, 108 KP. Oh. Mein letztes Pokémon, das wird der Entscheidungskampf. Ich meine, ich denke, ich mache mal den Fußstrahl. Oh, Lichtschild, okay. Ich sehe schon, wir wollen also keine speziellen Angriffe hier einsetzen. Denn die werden absolut keinen Schaden machen. Wer hätte sonst noch ein Level abverdient? Ich denke, ich werde einfach zu Krokodok wechseln, denn Krokodok hat einen Kampfangriff. Ansonsten könnte der Kampf gegen Hightailra sich wirklich lange ziehen, wenn wir nicht irgendwas in den effektiven Kampfangriff haben. Das Pokémon sollte wahrscheinlich 400 KP oder sowas haben. Und es ist auf Level 41. Oh, das erhöht die Verteidigung. Das ist ehrlich gesagt ziemlich unangenehm. Plötzlich Selbstvorverwirrung. Yes. Aber das macht nicht viel Schaden. Krokodok, warum ist das jetzt das eine Mal, dass der Himmelhieb daneben geht? Kannst bitte aufhören damit? Wie viel Schaden macht Himmelhieb jetzt? Ausreichend. Ich dachte kurz, es wäre echt wenig, aber das ist ausreichend Damage. Egal, wie oft du versuchst, dich zu heilen und ein Iglar einzusetzen, früher oder später wäre ich ein Volltrefferland und ich könnte notfalls auch Trashy einsetzen und Trashy hat Toxin. Fordere es also nicht heraus. Citrobeere füllt. Ja, 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 okay. Wir sind ordentlich am Ende, es gibt kein Zurück. Ich weiß, wenn ich Surfer einsetzen würde an dem Punkt. Ich meine, die Spezialverteilung ist wieder auf normalem Stand. Naja, Naja, Spezialangriff ist keine gute Idee gegen Hightower. Bleiben wir also beim guten alten Himmelhieb. Das Problem ist, er wird jetzt wahrscheinlich aufheilen. Und da er das macht, wechsel ich direkt zu Trashy, damit wir direkt Toxin machen können, denn es wird ansonsten alles ewig dauern. Yep, da ist die Top-Genesung. Oh mein Gott, schau euch an, wie lange die Top-Genesung braucht. Aber ich bin mir sicher, auch wenn wir jetzt drei Pokémon reingeschickt haben, sie werden trotzdem noch so viele Erfahrungspunkte bekommen. Die gute Sache ist, dass sie seit Heira leider keine Option hat, irgendwie offensiv was auszuteilen. Es ist ein rein defensives Pokémon. Ich meine, es hat die Eierbombe, aber Eierbombe macht dazu gar keinen Schaden. Dein Einigler bringt nichts, wenn mein Nachtipp ein Volltreffer wird. Denn der Volltreffer ignoriert deine Verteidigung. Und Eierbombe geht jedes Mal daneben. Schau dir mal vor, wie frustriert er Stacey gerade sein muss, wenn einfach der eine Angriff, den Heira machen kann, nur daneben geht. Das muss fürchterlich sein. Da trifft sie die Eierbombe. Macht akzeptabel, viel Schaden, dafür, dass es von Heira kommt. Okay, ich denke, nächste Runde haben wir es. Außer er setzt nochmal Top Genesung ein. Okay, keine Top Genesung. Ich würde sagen, wir haben diesen Kampf gewonnen. Und der Arena Leiter hat nicht so viel Widerstand geleistet, wie man meinen würde. Und das war Heira. Krokodok erreicht Level 37. Krokodok versucht Schlitzer zu lernen. Näh. Wir brauchen keinen Schlitzer für Krokodok. Meine auch so robusten Pokémon einfach so besiegt. Ich meine, ein letztes Pokémon war sehr robust. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In der Anerkennung deiner Stärke bereiche ich dir den Minenorden. Wir erhalten den Minenorden von Adam. Wie auch immer der Typ jetzt im Endeffekt heißt. Dank des Minenordens kannst du nun auch die Attacke Stärke außerhalb eines Kampfes anwenden. Du besitzt nun sechs Orden. Das bedeutet, dass dir alle Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehorchen. Hier, das gebe ich dir auch noch. TM91. Mal schauen, was das sein wird. Enthält die Attacke Spukball? Moment, da sehe ich der schnelle Rückweg. Ich habe jetzt nicht wirklich gerade jemanden, der von Spukball profitiert, aber ist okay, schätze ich. Und ich muss irgendjemandem Stärke beibringen. Wer wäre ein guter Kandidat für Stärke? Vielleicht will ich Bidifoss einfach mal eben mitnehmen ehrlich gesagt. Hey, das ist der Minionort gut gemacht. Bei deiner Stärke sollst du überlegen, ob du nicht Pokémon Champ werden willst. Natürlich bin ich stärker als du. Da hast du kaum meine Chance tatsächlich zu werden. Na egal, MOP-Man, ich komme mit in die Bibliothek. Ich bin unterwegs. Ne. Nicht schnell genug. Mach mal ein bisschen hin. Hopp, hopp. Ich kann Jochen auch nicht. Leider nerv mich ein bisschen. die Decken hohe Regale sind voll gestopft mit Büchern. Was ist denn? Bitte störe mich nicht beim Lesen. Ich lese immer, während ich vor dem Bücherregal stehe. Hallo, das ist die Bibliothek von Flitburg. Bitte so leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Warum nehmen sie das Buch nicht mit nach Hause, wie jeder andere auch? Warum lesen sie in der Bibliothek? Na gut. Die Bücher der zweite Etage sind einfache Lektüre. Die Bücher hier sind aber so schwer geschrieben, dass ich nichts verstehe. Okay. Oh. Ist das nicht die Bücher, die man lesen kann? Nein. Okay. Da sind die wohl oben mit der Geschichte der Sinnoregion. Hey, Mopi Männlich, hierher, hier geht's lang. Oh, die beiden sind hier. Oh, da sind die Bücher, die ich meinte. Also gut, Opi, ich habe Mopi Männlich mitgebracht, wie ich gesagt habe, und nun bin ich auch schon wieder weg. Ja, ich verstehe schon. Hm, endlich sind alle hier, Mopi Männlich und die anderen hört zu. Erinnert euch daran, dass ich die Entwicklung von Pokémon studiere. Ja, ich erinnere mich daran. Aber je mehr ich studiere, desto mehr Geheimnisse tauchen auf. Pokémon, die sich entwickeln und solche dies nicht tun. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Entwickeln sich nur die, die noch nicht ausgereift sind? Was ist dann mit den legendären Pokémon, die sich nicht entwickeln? Müssen wir dann annehmen, dass diese Pokémon schon ausgereift sind? Ich habe eine Bitte an euch. An den 3 Seen von Sinnoh sollen jedes Einzelnen von euch. Helf mir, die Pokémon zu finden, die als Illusions Pokémon gelten. Hi Männlich, was ist das denn? Ich habe keinen Pokédex. Was? Wie? Was? Mein Name? Hat er jemand Männlich gesagt? Ich auch ohne Egal. Es gibt drei Seen und ihr seid drei Trainer. Teilt euch auf, sodass jeder einen See untersucht. Und Schia, du gehst zum See der Wahrheit. Gut gemacht. Jochen und ich möchten, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blizzach. Oder Blizzach. Der Weg dorthin ist schwierig, daher schafft es nur ein stärker Trainer. Oh, ja, sicher. Wieso ein paar von diesen linearen Pokémon für dich fangen? Weil du uns unsere Pokémon auf Route 21 gegeben hast. Das hat dich nur bis vor einer Sekunde vergessen. So soll es sein. Ich zähle auf dich. Und so bleibt männlich nur noch der See der Kühnheit. Der See befindet sich zwischen Schleyede und Weideburg, wenn ich zum Fernseher los Nachrichten irgendwas. Oh, oh. Ja. Okay. Es wird also nichts dazu gesagt. Die Seele, die sie eben sahen, stammt von dem Ort des Geschehens. Sie wurden von einem zufällig anwesenden Kameramann aufgenommen. Oh, ich weiß genau, ich weiß genau, um welchen sie es sich handelt und welchen zufällig anwesenden Kameramann, die zwei, die da standen und ihre Dokumentation gedreht haben. Da ist man wirklich sprachlos, möglicherweise wird nach der Explosion etwas am See freigelegt. Hey, Upi, wie seien es war eine Explosion? Aber wieso am See der Kühnheit? Lass uns noch nach draußen gehen. Ich mache mir Sorgen um den Ort. Kinder, seid vorsichtig, wenn ihr die Treppe heruntergeht. Ja, die Treppe, darum sollten wir uns Sorgen machen. Uppi Mellich, du solltest auch aufbrechen. Sei bitte immer auf der Hut, es könnte ein Nachbeben auftreten. Ich fühle mich wackelig auf den Beinen. Das Beben ist vorbei und meine Knie sind immer noch weich wie Wackelpeter. Ja, ich hasse es, wenn meine Knie weich wie Wackelpeter sind. Was war das ein Erdbeben? Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ja gut, ich würde sagen, wir lesen noch in den Büchern. Das Buch heißt die Geschichte des Ursprungs. Möchtest du es lesen? Ja. Zunächst gab es nur undurchdringbares Chaos. Mitten in diesem Chaos entwickelte sich ein Ei. Das Chaos hinter sich lassend wurde das Ei zum Ursprung aller Pokémon. Das Ei teilte sich und aus ihm wurden zwei Wesen. Das Rad der Zeit fing an, sich zu bewegen. Der Raum dehnte sich aus und dem Ei entsprangen drei Leben. Die zwei Wesen sprachen einen Wunsch und Materie entstand. Die drei Leben sprachen einen Wunsch und Intelligenz entstand. Nachdem dies vollzogen war, zog sich das Ei zurück in einen immerwährenden Schlaf. Der Mythos des Schreckens. Sehe dem Pokémon niemals in die Augen, denn sonst verlierst du das Wissen zu sagen, wer du bist. Wie willst du nach Hause zurückkehren, wenn du nicht weißt, wer du bist? Berühr das Pokémon nicht, denn sonst verlasse dich innerhalb dreier Tage alle Gefühle, aber vor allem füge dem Pokémon kein Leid zu, denn sonst verfällst du nach fünf Tagen in eine ewige Starre. Beruhigend. Die Volkssage aus Sinnoh Teil 1 Sinnohs Volkssage 1 Säubere die Knochen Säubere die Knochen der Pokémon, die du in einem Meer oder Fluss gefangen hast. Danke ihnen für die Nahrung, die sie dir spenden, indem du ihre Knochen säuberst. Hast du das getan, wirf die Knochen wieder zurück ins Wasser, aus dem sie kamen. Die Pokémon werden aus den Knochen neu entstehen und der Kreislauf des Lebens beginnt von neuem. Das ist ja eine interessante Volkssage. Ich wünsche mir übrigens, dass sie in Pokémon Legenda Archeos diese Geschichte dort widerspiegeln. 1-Sippen Pokémon, die den Menschen sehr nahe standen. Oh ja, das ist diese komische Situation. Da ist irgendwie in der originalen... Ich erzähle es gleich. 1 gab es Menschen und Pokémon, die am selben Tisch beißen. 1 gab es eine Zeit, als es keine Unterschiede zwischen diesen gab. Ja, irgendwie... Ach, ich weiß... Was war... Es war irgendwas in der japanischen Übersetzung sowas, dass sie 1 das gleiche war, aber das Standort ist jetzt auch gerade. Deswegen keine Ahnung. Aber ja, Pokémon und Menschen waren wohl mal gleich und dann hat sich irgendwas geändert und jetzt sind sie es nicht mehr. Sie beben gerade. Es hatte keine natürliche Ursache. Hey, 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 Leute! Habt ihr das gerade gehört? Am See der Kühnheit soll es zu einer Mega-Explosion gekommen sein. Aber jetzt ist wohl alles wieder in Ordnung. War wohl nur sehr laut. Ach so. Upi, ich mach mich auf... Ich mach mich auf die Socke. Ich hab ein ungutes Gefühl. Dieser Jochen kann wohl niemals still sitzen. Aber wie männlich, ich möchte nicht zu viel von dir verlangen, aber du musst zum See der Kühnheit. Ach so. Du willst nicht zu viel von mir verlangen, aber du sagst, hey, der eine See, in dem es gerade eine riesige Explosion gab, du musst da hingehen. Ich denke, das ist fair. Und die anderen gehen zu Seen, bei denen absolut nichts los ist. Auch solch eine Explosion ist dort wohl kaum alles in Ordnung. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist, aber du musst es herausfinden. Na, bevor du aufbrichst, muss ich dich warnen. Unternimm nichts, was gefährlich werden könnte. Du meinst, wie zum Beispiel zu dem See zu gehen, der gerade in die Luft gesprengt wurde. Von Team Galactic Terroristen, die dort immer noch wahrscheinlich unterwegs sind. Und seit Ewigkeit nichts anderes als Bombenanschläge planen. Aber ja, das ist nicht gefährlich. Wir werden dir helfen, sobald wir am See der Wahrheit nach dem Rechten gesehen haben. Upi, ich pass auf dich auf, versprochen. Ja, versprochen. Ich werde aufpassen. Ich bin nicht überzeugt von dieser Arbeitsaufteilung, ehrlich gesagt. Das scheint mir ein bisschen unfair zu sein, mir gegenüber, aber irgendjemand muss wohl der Held dieses Abenteuers sein und in dem Fall bin ich der Held. Wie so oft. Ich würde aber sagen, das lief soweit ganz gut. Wir haben den sechsten Ort geholt und wir nähern uns langsam den Punkt des Spiels, wo wir uns den legendären Pokémon stellen. Das heißt, das wird relativ interessant. Wenn das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Platin in der Randomizer Nassok Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nassok Challenge. Heute, oh es ist 17 Uhr, 17.22 Uhr. Gott, wo ist die Zeit hin? Wie die Zeit verfliegt. Heute müssen wir zum See der Kühnheit, wenn wir nicht alles täuschen. und ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, unser Team abzuändern, denn in unserem Team sind nur Pokémon der Farbe Blau erlaubt. Okay? Lila ist noch okay. Lila ist noch ein Eichnung im Blauton, aber ansonsten nur blaue Pokémon oder Pokémon des farblichen Blauspektrums. Okay? Es ergibt keinen Sinn. Warte, warum? Ich wollte gerade sagen, deswegen muss die Dequeen gehen, aber die Dequeen ist blau. Hm. Auf jeden Fall brauchen wir ein Pokémon, das fliegen kann und dafür ist Flauschi gerade optimal geeignet. So, wir wollen nach Nichtrostu, wir müssen nach Schleiede. Ja, Schleiede sollte ungefähr stimmen. Und dann fehlen uns nur noch zwei Orden und dann geht es zu den Top 4. Ich habe das Gefühl, wir kommen akzeptabel voran, würde ich gerne sagen. Gleichzeitig bin ich nicht inzwischen, weil ich habe nachgeschaut bei 17 Stunden Spielzeit. Das kommt nicht oft vor, dass ich innerhalb von zwei Wochen Spielfeld habe, wiederum das Woche drei, aber trotzdem für 17 Stunden Spiel. Ich habe das Gefühl, ich habe viel Zeit mit Pokémon Platin verbracht in der Zwischenzeit. Alter, ist okay. Ich mache auch keine Vorwürfe dafür. Kühnheitsufer. Wir sind da und die Kameramänner versperren den Weg nicht mehr. Was für ein angenehmer Zufall. Ein wildes Groing. Los geht's, Sitzbank. Ich würde sagen, wir hauen einfach ab, weil wir Zeit verspenden mit dem dummen Groing. Jemand hat Zeit dafür. Ja, Sitzbank an erster Stelle sollte angemessen sein. Ich würde glaube ich auch ganz gerne Schnellblein versuchen zu trainieren. Wisst ihr was? Ich werde mal eben nachschlagen, wann Voluminas Angriffe lernt. Das müsste Steinkante lernen können, oder? Das wäre nämlich ziemlich hilfreich, ehrlich gesagt. Attacken vierte Generation. Oh Gott, der Sound ist echt mies. Slendorf Level 31 Steinhagel. Das ist ein guter Angriff. Das Problem ist, dann kommen die nächsten guten Angriffe erst Richtung 50, aber mit Steinhagel lässt sich arbeiten. Ich würde fast sagen, wir werden Schnellblein mal eben einen EP Teiler geben. Denn er soll sowieso Statusveränderungen austeilen. Damit mache ich Paralyse. Wenn es dazu sich noch ein bisschen angreifen kann. Okay, ich werde mich nicht beschweren, aber das ist nicht wirklich, wofür es da ist. Wenn es schon in so greifbarer Entfernung ist. Ja, Schnellblein, du bist zurück im Team. Hauptsächlich gefällt mir Schnellblein ganz gut im Team, weil es einfach enorm viel Verteidigung hat. Oh, das war die Stelle hier. Die ganzen Carpador sind hier. Oh, das ist fürchterlich. Haha, nächste Halt, der See der Wahrheit, der nächste Ort, an dem, der eine Zivilisation am nächsten kommt, ist das Caf-2-Blatt-Dorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Oh nein, da wohne ich. Carpador geht sehr gut. Ein Carpador zappelt hilflos am Boden. Grausam. Das ist so ein cooles Setting. Sie haben einfach den kompletten See weggesprengt. Wo ist das Wasser überhaupt drin? Möchtest du dich dem Carpador anschließen und hilflos am Matsch zappeln? Und wer hat überhaupt die Treppen hier gebaut? Warum sind hier Treppen? Wer hat unter dem See Treppen gebaut? Ich habe das Gefühl, sie hätten das optisch besser regeln können als mit Treppen. Einfach Treppen. Irgendwer hat die dahin gebaut. Nein, warum nicht? So ist das Leben manchmal. Wer kämpft gegen Goldking? Wisst ihr was? Es ist Zeit für die Psychokinese. Die haben wir nicht umsonst gelernt. Ich werde immer wieder irritieren. Ich glaube, das habe ich sogar in Platin schon mal angemerkt, als wir schon mal gegen Goldking gekämpft haben. Aber, dass Goldking diese komischen Vampir-Szene hat, das missfällt mir. Falls das eine Sache ist, die euch nicht bewusst war, wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon angemerkt in Platin, aber Goldking hat absolut Vampir-Szene. Und das war eine Hätte vom strammen Max. Und als nächstes ein Weilord. Das ist ein Pokémon, das unter Umständen ein paar Schläge aushalten wird. Aber ich habe keine Angst vor Weilord. Das hält nicht so viele Schläge aus, muss man fairerweise sagen. Es wird keine zwei aushalten. Du kannst so viel Erholung einsetzen, wie du möchtest, Weilord. Und ich bin mir sicher, bei deinem Stoffwechsel möchtest du nicht viel erholen. Aber es ist an der Zeit für dich zu sterben, deine Spezialverteilung wurde gesenkt und sie war ohnehin schon nicht unbedingt in der Lage, um eine Stufe gesenkt, das macht so viel mehr Schaden. Machen wir Erdbeben trotzdem, um das Ganze zu beenden. Ich will auch ein bisschen versuchen, AP aufzusparen. Psychokinese sollte an dem Punkt stärker sein als Erdbeben. Ich glaube, der Spezialangriff von Metacross ist geringer als der physische Angriff, aber Psychokinese ist natürlich ein Stabangriff. Und Schneeblein ist bereits Level 29. Wir sind also so gut wie da. Ein Carpador zappelt hilflos am Boden. Kann ihm denn niemand helfen? Oh Gott. Wer hat die Treppen hier angelegt? Das irritiert mich, wie ich was hier weiß. Ich glaube, wir wollen erstmal zu dem Carpador Haufen, zu den Carpadoren. Selbst Team Galactic hat keinerlei Verwendung für Carpador. Und das sagt ihr jetzt. Und dann haben wir wieder eine Situation wie am See des Zorns und dann weiß wieder niemand, wie es dazu kommen konnte. Das sehe ich nicht zum ersten Mal. Wir haben die Galactic Bombe gezündet. Sprengkraft war enorm. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich finde es echt gut, dass ich einfach hierhin geschickt wurde, an den ungefährlichsten Ort, wo gerade eine Explosion stattgefunden hat. Damit meine ich, das finde ich immer noch echt cool, dass ich hier einfach hingeschickt wurde. Stremmer Max, ich glaube, wir sind bereit für ein Erdbeben. Was wird Magneson einsetzen? Den Kreideschrei, aber der wird abgewehrt vom Neutral Torso, du Schusse. Das funktioniert doch so gar nicht. Hier haben Schluck getrunken, falls euch wundern, zwar Wasser. Und Magneson wurde besiegt. Ja, ja, aktuell habe ich das Gefühl, uns ganz so schnell niemand aufhalten. Ich sage es euch, wenn Schnäblein erst mal seinen Steinhagel gelernt hat, dann sind wir zurück im Spiel mit dem fast vollständigen Team. Vielleicht werden wir danach sogar versuchen Wablu zu entwickeln. Das gute Flauschi, wenn wir schon dabei sind, wir brauchen nämlich sowieso ein Pokémon, fliegen kann. Und auf welchen Level entwickelt sich Wablu, was? Ich glaube, es war echt spät. Wenn es irgendwas in den 30ern wäre, würde ich sagen, ja, das bekommen wir hin, aber wenn es dann schon eher ein bisschen Richtung 40 geht, wird das dann doch schwierig. Oh, Horrorblick. Ich würde sagen, das verspricht soweit ein interessanter Kampf zu werden, denn Sitzbank hat keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Egal, was uns erwarten wird. Das ist immer sehr ermutigend, Burmadame. Ja, jetzt werden wir fertig. Ich glaube, das müsste Käfer und Pflanze sein. Ich meine, es hat gewisse, wenn man genau hinschaut, kann man gewisse pflanzliche Elemente erkennen, wie zum Beispiel der gesamte Körper, alles außer dem Kopf hat durchaus gewisse pflanzliche Eigenheiten. Und das war Burmadame. Der gute alte Eisstrahl. Der erleichtert unser Leben enorm. Und 36 Besitzbanken. Das ist nicht gut. Oh Gott, wir können es nicht zurückziehen. Ich meine, macht Drachenklaue nicht so viel Schaden. Wenn wir jetzt noch ein paar Effekte mit den Kolfu-Strahlen bekommen, dass ich es ein paar Mal selbst verletze, dann sollte der Kampf durchaus machbar sein. Vor allem mit dem Eisstrahl. Die Algas verbirrt haben schon. Yes! Es nimmt doch guten Schaden, wenn es sich vor Verwirrung selbst verletzt. Der Eisstrahl macht. Oh, ebenfalls akzeptablen Schaden. Okay, noch zweimal Eisstrahl, wir sollten den Kampf gewonnen haben. Unabhängig davon, ob du dich vor fünf Wochen selbst verletzt oder nicht, aber wenn du es tust, dann werde ich nichts dagegen einzuwenden haben. Ich vermute, der Trainer wird keine Heilung haben, denn er hat auch sein Kurs Zille einfach zurückgezogen, statt irgendwas anderes zu machen. Ich würde sagen, das war der einfachste Kampf, den wir gegen so ein Legende Raspop haben. Oh, das hat sogar Antikkraft. Wir sind so, wisst ihr, wie knapp wir gerade an einem kompletten Desaster vorbeigeschrammt sind? Wenn nicht so viele Verwirrungen tatsächlich eingesetzt hätten, dann wäre das absolut das Ende von Sitzbank gewesen, vor allem, wenn es seine Stats noch etwas erhöht hätte. Und das hätte so gefährlich werden können. Mein Gott, zum Glück haben wir Gott Fußstrahl. Ein Hippopotas. Na gut, ich denke, das ist einfach mal, schau ich Hippopotas an. Oh Gott, vielleicht ist das eins der Top 5 Pokémon aus Generation 4. Ich habe die Animation gesehen, das ist fantastisch. Ich wollte damals unbedingt einen Hippotherus trainieren. Das habe ich auch gemacht, aber nicht allzu viel, weil ich habe Generation 4 nicht so viel gespielt, aber Hippotherus war durchaus eins der Pokémon, das bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wisst ihr was, heutzutage muss ich sagen, vielleicht hätte ich einfach bei Hippopotas bleiben sollen. Vielleicht ist es das einfach, was ich mir gewünscht habe. Okay, Ryder Mark, ich denke, du bekommst den Surfer ab und dann gewinnen wir den Kampf. Man muss fairerweise sagen, Ryder Mark hat versucht, diesen Kampf zu gewinnen. Er hat versucht, die Sitzbank zu Fall zu bekommen, aber wie die meisten bisher ist ja daran kläglich gescheitert. Wollen wir mal strenger Max an erster Stelle. Tut mir leid, ihr Carpadore. Irgendwann werde ich euch helfen können. Da ist wirklich ein großer See, den sie herausgesprengt haben. Und da ist noch hohes Gras. Ich freue mich, wie man da rankommt. Es sollte einen Weg geben, oder? Oder ist das eins von diesen hohen Gräsern, wo man nie rankommt. Was machst du? Du willst die Explosion untersuchen? Ist ja auch egal. Wer du bist, das macht keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wirklich interessante Zeiten an. Alle legen dir an Pokémon und werden in Schleihidee gebracht. Du solltest mir solche Informationen nicht mitteilen. Oh, ich glaube, das ist ein Galaktik-Vorstand. Der könnte galaktisch viel ärger wollen. Das heißt, wir werden jetzt nochmal eben aufheilen. Und dann legen wir los. Die Mission verläuft wie ein Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und das Beste für Team Galaktik. Ich kenne dich doch. Du bist doch das Kind, das in ewig genau das Gebäude von Team Galaktik überfallen hat. Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Kind in die Knie zwingen lässt. War das nicht Mars? Jeder der sich Team Galaktik in den Weg stellt, wird die Konsequenzen spüren. Jeder noch so kleine Pieps mit gegen uns wird von uns übertönt. Oder was du Mars? Ich weiß, wir werden jetzt nicht herausfinden, weil der Name randomized ist. Es ist Preschooler Landon. Oh, was? Bist du Jochen, oder was? Was soll schon wieder die Maske legen Nummer? Na, Psychokinesisch schätze ich. Das scheint üblicherweise ein relativ starker Angriff zu sein. Nicht so stark, wie ich mir wünschen würde, aber die Spezialverteilung ist gesunken. Und die Stachelsporke. Und die Musik ist ziemlich dynamisch hier gerade. Für den Stoß. Okay, abseits von Stachelsporke scheint es nicht wirklich irgendwas zu können, das der Rede wert ist. Das erfreut mich ungemein, muss ich ehrlich verstehen. Und jetzt schlag zu. Das ist eine stramme Psychogenese. Und es lebt auch so knapp, aber er wird heilen, oder? Weil er hat nichts zur Heilung da. Preschooler Landen, wie willst du denn so jemals gegen mich gewinnen, wenn du nicht mal Heilung hast? Aber umso besser, dann setze ich einfach nur eine Metallklaue ein. Das scheint auszureichen. Und ja, ich werde mein Pokémon so aus von auswechst beim nächsten Gegner. Außer es ist etwas wogegen der stramme Max zum Vorteil abt ist. des öfteren passiert, aber wir werden sehen. Coco Vai. Dagegen ist der stramme Max ehrlich gesagt mittelmäßig. Wisst ihr, wer dagegen ziemlich gut sein wird? Unser guter alter Trashy. Ich bin immer noch so begeistert davon, dass wir mit Trashy inzwischen kämpfen können. Das ist einfach der Traum, den wir immer leben wollten, aber nie so ganz leben konnten. Und Holz haben wir das ein cooler Eingriff. Ich denke, wir sparen uns den Teil mit dem Toxin direkt und gehen zur Matschbombe über. Wie viel Schaden macht Matschbombe? Das war nicht mal ein Volltreffer? großer Gott. Ah ja, das vom Typ Psycho. Ups, das habe ich vergessen. Das Gefühl, es macht bei mir ebenso viel Schaden wie ich an Kokowai. Das Problem ist halt, dass es jetzt noch leben wird. Nein, wird es nicht. Das ist effizientes Gift, das Trashy davon sich gibt. Und ein Jan Mega. Wie viel Jan Mega ist das jetzt eigentlich? Ich habe das Gefühl, wir kämpfen so gegen Jan Mega. Jan Mega kann Antikkraft. Dieses Mal habe ich es im Hinterkopf. Level 40. Seht ihr? Ich habe es nicht vergessen, dass Jan Mega Antikkraft kann. Ich wusste es einfach. Oh nein. Nein, 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 nein. Warum? Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn das passiert. Und Tempo Schub. Ich denke, wir machen Heiszahn. Muss es auch ein Oil Stats Up sein. Der Mega macht jetzt halt echt viel Schaden an Kokodock. Oh Gott. Wir gehen zum strammen Max. Und dann lassen wir uns einmal von Antikkraft treffen, schätze ich. Denn wir haben da nicht wirklich eine andere Wahl. Hoffen, dass es keinen Oil Stats abgibt und dann gönnen wir uns Stats Oh Gott. Nein. Oh Gott. Wirklich? Oh, das ist gefährlich. Das ist nicht gut, dass gerade alle Stats zweimal erhöht wurden. Abseits von der Geschwindigkeit, welche sehr erhöht wurde, aber war das nicht der Punkt. Offenlegung schlug fehlend. Offenlegung müsste neutral sein. Psychokinese? Wie viel Schaden macht die gute alte Psychokinese, wenn wir sie einsetzen? Dafür ist das nicht sehr effektiv ist, weil sie übrigens gerade auch eine Menge Damage. Ich glaube, das war die letzte Antikkraft, mega einsetzen kann. Oh, das war ein Worttreffer. Die ignoriert natürlich alle Statusveränderungen. Das ist erschreckend sehr viel schwächer, als ich erwartet habe. Oh, Steinhage von Schnäblein. Yeah, den würden wir gerne erlernen. Dafür packen wir Schnabel weg. Ich weiß, ihr werdet euch jetzt sagen, du kannst Schnäblein nicht einfach Schnabel vergessen. Das ist ein Signaturangliff, aber doch, doch, das kann ich. Du bist stark, jetzt verstehe ich, warum du irgendwas. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen? Das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic wird die drei Legende an Pokémon aus den Seen fangen. Mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Oh, oh. Das heißt, wir gehen als nächstes zum See der Wahrheit, nehme an. Muster. Das ist relativ cool. Was machst du hier noch? Wir sind Team Galactic das stärkste Syndikat der Welt. Okay, ihr seid einfach noch hier. Ähm, Flauschi? Es ist Zeit, zum See der Wahrheit zurückzukehren. Und wir waren lange nicht mehr am See der Wahrheit. Wir waren da wirklich lange nicht. Wir schauen mal bei Mutter vorbei, wenn wir schon mal gerade auf der Durchreise sind. Also die Frage ist, was will ich eigentlich am besten Schneeblein für ein Item geben? Was hätten wir das Schönes? Hm. Was denkt die Genauerigkeit des Gegners? Wäre eigentlich ganz cool, glaube ich. Oh, ich weiß nicht. Ergeht der Gegner zuerst, erhöht sich die Genauigkeit des Trägers. Das wäre an sich cooler, wenn nicht welcher Angriff der davon profitieren würde. Hm. Ich würde fast sagen, wir hatten wir nicht das eine Item, mit dem man mehr Volltreffer landet. Oder habe ich mir das eingebildet. Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Nein, das habe ich jemand anderem gegeben, oder? Klingklaue wäre halt auch nutzlos. Versteckt Angriffe vom Typ Boden? Hm. Hm. Fokusband, Domfossil, Lahmrauch. Hm. Das haut mich alles nicht so ganz um, muss ich ehrlich gestehen. Scheint alles relativ nutzlos soweit zu sein für uns. Da muss doch irgendwas sein, das uns was bringt. Wir können den Gäten halt auch nicht zurückschrecken lassen. Dafür sind wir zu langsam. Lachsrauch. Senkt die Neuheit. Ich meine, das wäre auch nicht optimal, weil wir haben sowieso schon so viel Verteidigung, aber ich schätze, das machen wir. Und der Kokodok, dir möchte ich auch gern anderes Item geben. Das Münsteramulett hat uns hervorragende Dienste geleistet, aber ehrlich gesagt, würde ich ihm ganz gerne das Zauberwasser geben, um seine Surfer etwas stärker zu machen. Glücksrauch war das nicht, ja, Münsteramulett. Hat aber beides den gleichen Effekt, also, was für ein Unterschied. Hallo, meinem Pokémon geht es gut, ich möchte mich heilen, und dann möchte ich auch schon wieder weitergehen zum Wahrheitsufer, denn ich habe das Gefühl, da braucht sich ein gewisses Unheil an, und das sollten wir vielleicht versuchen zu beseitigen, ehrlich gesagt. Wahrheitsufer. Oh, ein Muppe Männlich, welch ausgezeichnetes Timing, Team Galactic, diese Schurken suchen das legendäre Pokémon, du willst Lucia helfen. Aua, was hat der Knacker nur? Ich weiß auch nicht. Wir haben ein paar 2 gegen 2 Kämpfe. Ich denke Trashy und Wieso was? Wir machen ein paar stählane Kämpfe. Was seid ihr davon? Niemand wird uns besiegen können. Unsere Aufgabe ist es nicht hinzuhalten und diesen Job erledigen wir jetzt. Nein, ja. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Ja, davon gehen so einige aus. Aber es ist jeblicherweise eine Sache, die nie gut ausgegangen ist. Aber wir sind noch nicht ganz an dem Punkt um das zu realisieren. Hm. Was machen wir am besten? Ist jetzt Verfolgung auf Kokowai? Und ist dann auch Verfolgung. Und Donnerwelle auf Stolrag. Stolrag sollte erstmal verschwinden, würde ich sagen. Beziehungsweise wir paralysieren es und dann sollte es nicht mehr allzu viel machen. Vollzimmer gegen Metacross. Das ist auch eine interessante Entscheidung. Und hey, wie sie herausstellt, ist Schneeblein gar nicht der langsamste Kämpfer hier. Aber fairerweise muss man sagen, Stolrag ist langsam. Es ist kein schnelles Pokémon. Stolrag ist halt gerade auch wirklich typentechnisch echt nicht optimal für diesen Kampf. Aber Steinhagel! Wie viel Schein macht die Metallklaue an Kokowai? Ist okay. Eine von Kokowai geht daneben. Vielleicht hätte ich einfach noch mehr Ähm Au! Nicht Eisenschädel. Vielleicht hätte ich einfach noch mehr Was ist das Wort das ich suche? Oh ja, noch mehr Donnerwelle machen soll mit Schnäblein. Damit es vielleicht ein bisschen mehr bringt. Aber das sollte auf jeden Fall gut Erfahrung spunkte sein. Sie raten, der 37er Trainer ist der, der kein anderes Pokémon hat. Ja. Ich denke es an der Zeit für den Strammeln Max zu gehen. Und holen wir dafür Sitzbank. Denn Sitzbank kann eine gute Hydro-Pumpe machen. Und du machst ansonsten Verfolgung, schätze ich? Ich überhaupt sage ich paar Erfahrungspunkte für Schnäblein sammeln. Fürs Protokoll. Deswegen lasse ich es mal noch drin. Schäblein ist nämlich vom Level her etwas niedriger als die anderen. Möchte ich einfach mal zu seiner Verteilung anmerken, weshalb es auch viel weniger Schaden austeilt. Denn das ist der Grund dafür, dass es vom Level her zu niedrig ist. Und nicht weil es einfach generell absolut keinen guten Angriffs wert hat. Aber das ist okay. Das kann den Gegner gut hinhalten mit einer Donnerwelle und dann noch ein bisschen Stein Hage und dann werden wir schon was kaputt bekommen. Vor allem ist es für den Gegner selber nicht kaputt zu bekommen. Und das ist das wichtigste. Ein Aerodactyl. Seht das? Ich sag's euch, wenn Schnellblender hinzukommt anzugreifen, dann wird sich das lohnen. Daher Antikkraft. Warum kann jedes Pokémon in diesem Spiel Antikkraft? Und jedes meint es anstrengend. Das ist nur ein 60er Angriff. Wie kann dieser 60er Angriff so große Probleme machen? Jetzt der vielleicht sollte ihm auch irgendwas zur Heilung geben, aber ich weiß nicht. Und ein Schiller. An sich könnte man sagen, dieses Schiller könnte gefährlich werden, aber na, an sowas glaube ich nicht. Ich glaube nicht an die Gefahr. Ich glaube daran, dass Schneeblein kein Problem haben wird. Ich meine, Schneeblein hat eine enorme Spezialverteidigung. Es wird doch wohl ein Level 33 Schiller abwerden können. Hoffe ich. Mal schauen. Nicht in dem Ausmaß, wie ich überhaupt hatte. Ich denke, ich werde Schneeblein am besten auswechseln. Mein Sitzbank ist für diesen Kampf auch nicht optimal, aber ey. Wer soll nicht jedes Pokémon auswechseln? Holen wir stattdessen ein guter alter Trashy. Die gute alte Schlammbombe und das Problem ist geklärt. Ich will übrigens nicht wissen, wie seit wir Trashy weiterentwickelt haben, Schlammbombe und Matschbombe miteinander verwechselt haben. Aktuell bin ich in einer klaren Phase und ich weiß, dass Matschbombe der Gifteangriff ist und Schlammbombe der Bodenangriff. Aber wer weiß, wie lange das anhalten wird. Jetzt halte ich meine beiden. Yeah. Eine Hydro-Pombe sollte reichen, um Schlürz besiegen. Und wenn nicht, dann eine Matschbombe bei der Matschbombe ist der Giftangriff? Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Jetzt war ich mir so sicher, dass... Ja, warte, habe ich vorhin Matschbombe gesagt? Jetzt bin ich selber... Okay, ich bin noch mehr verwirrt als andere. Versuchen wir nicht weiter, drüber nachzudenken. Schlammbombe bei der Bodenangriff und Matschbombe mit der Giftangriff. Glaube ich. Verlieren wir auch Teil des Jobs. Das zu sagen hat bereits geholfen. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Ich bin zu jung, um so einiges zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Und jetzt werde ich mich mal eben noch mal bei Mama aufheilen. Ich werde kurz was essen gehen und dann geht der KfS richtig los. Zorn, ich habe mich nur gerade eben noch ein bisschen frisch gemacht. Ich beförre deinen Pokémon in die Erdumlaufbahn. Wir bekommen einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission ein Erfolg wird. Ein ordentlicher Bonus? Den könnte ich mir auch gut für mich vorstellen. Gegen den ordentlichen Bonus hätte ich auch nichts einzeln... äh... Wetten. Oh, das ist brandgefährlich. Zapdos und Sengo. Ich würde sagen, wir machen Psychokineser auf Zapdos und Steinhage auf beide. Och. Item-Sperre. Okay. Seltsame Entscheidung für den Angriff, aber okay. Liebe Schad macht Steinhage auf Sengo. Nein. Es ist okay. Wir müssen da an, dass es sich um Schnäblein handelt. Und da ist die Donnerwelle. Stramamax, bleib bei uns. Greife an. Yes. Schauen. War schwer in Ordnung. War schwer in Ordnung. Und Sengo verschwindet weiterhin unsere Zeit, indem es Item-Sperre einsetzt. Das ist fantastisch, ehrlich gesagt. Viel einfacher hätte man mir das Leben nicht machen können an der Front. Nein. Machen wir einfach mal so weiter. Ach Gott. Ich gehe davon aus, dass... Nicht Schnäblein, sondern... Dass der Stramme-Max paralysiert sein wird. Und deswegen sowieso nicht angreifen kann. Yep. Das war abzusehen. Okay. Und der Scanner-Schluck fehlt. Da ist der Schlitzer. Der macht da leider nicht viel Schaden. Das ist die gute Sache ist. Denn bekannter Maß, wenn wir jetzt gerade nicht, äh... Oh, das war okay. Wenn wir jetzt nicht gerade mit Stahlpuppen gegen Sengo kämpfen würden, dann... Wäre sein Schlitzer sehr gefährlich für uns. Und Level 37 für den Strammen-Max. Angriff plus 4. Und Level 37 für Schnäblein. Was haben wir hier für, äh, Stat-Ups? Spezialangriff plus 4. Angriff von Verteilung plus 3. Oh, du bist mir ein Spezialangreifer. Ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt. Haben wir überhaupt wirklich spezielle Gestein- und, ähm, Stahlangriffe in der Generation? Ich glaube nicht wirklich. Okay. Ähm. Das ist jetzt ungünstig. Ich würde so gerne hier einfach Erdbeben einsetzen. Was mache ich jetzt überhaupt am besten gegen die beiden? Ich bin halt echt nervig. Ach, Trashy bringt uns nichts. Sie sind, äh... Gift hat keine Wirkung. Schäblein hat nicht wirklich was Effizientes. Psychokinesi wird auch nicht viel Schaden machen. Versuchen wir, strammen Max erst mal von seiner Paralyse zu heilen. Das stört mich gerade wirklich. Hm. Ach ja, Item-Sperr ist eine Sache. Oh. Ich denke, ich werde auf... Ein Schäblein kann nicht ausgetauscht werden. Oh, wegen dem Flunk-Kiefer. Ich glaube, das ist eine Sache. Kann ich Donnerwelle auf meine Zone machen? Warte, ich kann weder Items einsetzen, noch meine Pokémon austauschen. Oh. Okay. Wir werden erstmal beide paralysieren. Und danach sehen wir weiter. Wie schade macht es nicht, Jukinese? Ordentlich. Ehrlich gesagt. Und Schäblein kann wieder Items einsetzen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns einen Lavakeks. Für den strammen Ma... Okay, ich kann wieder... Okay. Okay. Ich verstehe, wie es funktioniert. Ich dachte, es wäre so gemeint, dass Schäblein generell wieder Items einsetzen kann. Aber es gemeint ist, dass ich wieder Items auf Schäblein einsetzen kann. Was natürlich ein kleiner, aber feiner Unterschied ist. Okay, beide paralysiert. Das sollte unser Leben erleichtern. Werden wir paralysiert oder nicht? Naja, können wir nicht, weil es bereits paralysiert ist. Aber! Die grausamen Zeiten, in denen wir uns um sowas Sorgen machen mussten, sind offiziell vorbei. Gönn dir einen Lavakeks, strammer Max. Labe dich an seinen Nährstoffen. Ist mal ein guter Reiskeks, muss man fairerweise sagen. Okay. Sicher, ich lese. Ich werde trotzdem noch zu keinem meiner anderen Poké und will ich wechseln. Das Problem ist nämlich, dass Magnison... Das ist ungünstig gerade. Vor allem gegen meine zwei Wasser-Pokémon. Das Erdbeben wäre natürlich die Lösung aller Probleme für uns, wenn es gerade nicht ein 2 gegen 2-Kampf wäre. Aber okay. Wie kommen wir alles hin? Steinhage! Wie viel Schaden macht Psychogenese? Okay, ich wollte gerade sagen, das ist so guter Schaden, aber es war ein Volltreffer. War aber trotzdem wirklich guter Schaden. Ich meine, die Sonne ist paralysiert. Aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es paralysiert ist, dass wir nicht andreifen kann. Schauen, wie viel Schaden machen wir? Oh, sehr schön. Der Steinnagel wird es zu Ende bringen. Puh, dieser Kampf hat sich gezogen. Aber wir haben gewonnen. Und das ist das Wichtigste. In meinem Kopf gibt es auch eine Umlaufbahn. Alles dreht sich im Kreis. Damit hat sich das Thema Bonus vor erledigt. Eine epische Tragödie. Eine Tragödie epischer Ausmaße. Also ich würde sagen, ich gehe nochmal meine Pokémon heilen und dann werden wir wahrscheinlich gegen noch einen Team Galaktik-Vorstand kämpfen. Also gut, ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Ich habe mir vorgestellt, dass es ein 2-gegen-2-Kampf wird. Gegen dem Galaktik-Vorstand. Das heißt, ähm... Glaube ich würde... Wir packen Trashy an der erste Stelle. Trashy hat es sich verdient. Äh, Wopi-Bendlich. Das ist die Team Galaktik. Und sie haben das Pokémon des Sees. Ich kann damit nicht gegen diese Person an. Dieses Gesicht. Es wird schlimme Erinnerungen. Es war Mars. Ich meine, das, was beim Windkraftwerk vorgefallen ist. Moment. Ah ja, Mars hat rote Haare. Au. Verstehe. Das sind eure Namen. Je nachdem, auf welchem Planet ihr basiert habt, habt ihr auch dann die Haarfarbe davon. Wegen dieses kleinen Vorfalls habe ich eine ganze Menge Ärger gekriegt. Was machst du für ein Gesicht? Du erinnerst dich doch an mich. Schön, was soll's auch. Ich sag dir, wer ich bin. Ich bin Mars. Commander von Team Galaktik. Zumindest einer von ihnen. Was stellt ihr da? Irgend so ein Liebespärchen, das zur Hilfe eilt? Keine Chance. Nicht gegen die... Nicht die geringste. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Nicht die geringste Chance also. Okay. Horygon Z. Plan Z funktioniert perfekt. Toxin! Mach ich den, Flute? Okay. Meine Bodenangriffe haben also keine Wirkung mehr auf Porygon Z. Dann bleiben wohl nur noch alle Angriffe, die meine Pokémon können, außer das eine Erdbeben. Ich hoffe, ich werde damit zurechtkommen. Hiermit eure Rettung in Item-Sperre. Das sperren wir überhaupt nicht. Und Matschbombe macht. Akzeptablen Schaden. Aber Toxin macht noch viel akzeptableren Schaden. Ampelleuchter. Leider kein Angriff, in dem du gegen Trashy wirklich Punkte gewinnen kannst. Horygon Z ist irgendwie vom Äußeren ein ziemlich cooles Pokémon. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht mal so gut. Aber es ist relativ cool. Muss man fairerweise sagen. Und Level 38 für Trashy. Ein Tornupto. Hm. Ich denke, das ist eine interessante Herausforderung. Und wir machen das gleiche wie jedes Mal. Oh nein. Du siehst doch nur, ob du wieder am Einigler... Ähm... Fest... Äh, hängt es wieder am Einigler fest? Nein, nein, tut es nicht. Ja, damit sinkt dein Spezialentgriff, oder? Wenn du das machst. Nein, Flammensturken ist einfach nur problematisch. Mal schauen, wie es laufen wird. Ah, Matschbombe. Das macht noch mal Flammensturm. Gefährlich. Denn der macht über 40 KP Schaden. 42, um genau zu sein. Das heißt, ich werde nicht in der Lage sein, noch einen Flammensturm zu überleben. Aber! Ich werde dann in der Lage sein, einen zu überleben, wenn ich... Okay, ich dachte, ich könnte sich von der Vergiftung halten. Oh ja, wir hatten die Itemsperre. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich wieder aufgehalten habe, wir hatten die Itemsperre. Aber die Zeiten sind vorbei. Es war dann nach dem Einsatz von Kumo Milch, bis es tatsächlich... Die Animationen kamen so viel Zeit, dass ich mir Sorgen gemacht habe, ob es überhaupt geklappt hat. Erneut einen Flammensturm. Immer noch gefährlich. Au, nein! Au! Nicht die Verbrennung! Das ist nicht gut. Ich kann auf jeden Fall noch einen Angriff überleben. Noch einen Flammensturm. Mal schauen, ob Toxin jetzt genug Schaden macht, damit Trashy direkt Tornupto killt. Ich würde mich aber mal nicht drauf verlassen. Na, ich glaube, so stark ist Toxin noch nicht. Ich lag absolut falsch. Wenn Toxin erstmal ins Rollen kommt, dann ist es halt wirklich stark. Wir heilen uns im 8 KP und wir verlieren 8 KP. Oh Gott, wir verlieren viel! Garados. Wer wäre ein guter Gegner für Garados? An sich jeder, aber ich würde sagen, Sitzbank hat länger nicht mehr gekämpft. Sitzbank, zeig uns, was deine Eisschreien drauf haben. Garados sollte an sich nicht welche Angriffe haben, die die Sitzbank allzu viel ausrichten können. Ich meine, das war ein sehr starker Nassschweif. Ich hoffe übrigens, dass Impergator Nassschweif lernt. Das wäre ein wirklich guter Angriff dafür. Aber wir werden sehen. Regentanz. Regentanz könnte Nassschweif sogar tatsächlich schon fast gefährlich für Sitzbank machen. Was hältst du davon, mein Freund? Was hältst du davon? Ich glaube, eine Verwirrung wäre auch ziemlich gut für Garados. Das hat nämlich einen ziemlich hohen Angriff. Ich denke, die Verteidigung sollte nicht so hoch sein. Sollte also irgendwie okay sein. Also um 8 KP geheilt. Nein, sogar um 9. Mein Gott, was für eine Heilung. Es bleibt einfach ewig eingeproren. Ich glaube, Pokémon können auch für 5 Runden oder so eingeproren bleiben. Manchmal tauen sie wirklich schnell auf. Und manchmal tauen sie einfach nie wieder auf. Aber wenn es auftaut, sollte es auf jeden Fall noch verwirrt sein. Das heißt, der Kampf sollte eigentlich an sich gelaufen sein. Wenn es auftaut. Es ist nicht so sicher, dass das jetzt überhaupt noch passieren wird. Wenn du vorhast aufzutauen, Garados, jetzt ist deine letzte Chance dafür. Nein. Okay. Das war kein so harter Kampf, muss ich ehrlich gestehen. Du bist einfach nur ein Garados am Stiel. Dass wir uns da genehmigt haben. Immer und immer wieder. Ich mag, dass die Vorstände Preschooler sind. Ich habe schon wieder verloren. Zuerst beim Windkraftwerk. Und jetzt am See der Wahrheit. Das wüsst du mir. Ein Commander von Team Galactic sollte so ein Missgeschick nicht passieren. Ruhig jetzt, Mars. Mein Part habe ich immerhin erledigt. Meine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Stimmt. Ich habe meine Mission ohne Probleme erfüllt. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss wartet im Hauptquartier. Irgendwie sind die Pokémon der drei See miteinander verbunden. Dank Saturns großartiger Leistung erschien hier eine Höhle. In just dieser Höhle schlief das Pokémon Vespriet. Vespriet ist vermutlich aufgetaucht, um den, äh, um den, um den Seinen zu helfen. Das hat perfekt gepasst. Es einfach zu fangen, äh, es einfach zu fangen war es auch. Ha, und jetzt haben wir sie alle. Vespriet, das fühlende Wesen. Turbuts, das starke Wesen. Selve, das wissende Wesen. Jetzt, da wir sie alle in unserer Gewalt haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Team Galaktik für euch vorbereitet. Jetzt verstehe ich. Das, äh, das ist auch am See der Kühnheit geschehen. Ein weiteres legendares Pokémon wurde von Team Galaktik entführt. Beide habt ihr es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Das ist mir schon aufgefallen, als sie angefangen haben, halb Sinn um die Luft zu sprengen, was scheinbar niemand weiter interessiert hat. Allein, dass ihr unbescheid davongekommen seid, ist eine Freude. Was aber ist mit dem See der Stärke, ist Jochens Sicherheit? Das ist die Frage. Wisst ihr, wann wir diese Frage lösen und erklären werden? Nicht heute. Aber wo ist der andere See? Kühnheitsufer. Oh, der ist da oben. Ah, da können wir mit der V-M-Stärke dann hin, nehme ich an. Aber ich sage, wir machen uns auf den Weg nach, äh, Blizzach oder Blizzach. Je nachdem, wie man es ausspricht. Und, äh, das wird gefährlich. Ich werde davor auf jeden Fall noch ein paar Tränke kaufen müssen. Denn wenn mich gerade nicht alles täuscht, hat man da einen sehr weiten Weg vor sich, an dem man nicht die Möglichkeit hat, sich zu heilen. Es ist, als würde man durch den Schneesturm laufen, quasi. Und das, äh, ist etwas beängstigend. Aber, das, äh, fangen wir nicht mehr heute an. Sondern beim nächsten Mal. 18 Stunden Spielzeit. Mein Gott, wie die Zeit verfliegt. Wenn man so viele Kämpfe gewinnt, wie ich. Aber ja, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute zwei Team Galaktik-Vorstände geschafft. Und, äh, wir kamen generell gut voran, würde ich sagen. Wie das Ganze weitergeht, sind wir im nächsten Part von Pokémon Platin Randomizer Nightstock Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, gute Nacht. Hallo! Und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nightstock Challenge. Beim letzten Mal, äh, waren wir bei den Seen. Dem See der Stärke und dem See... Ich will eigentlich auf meine Karte schauen fürs Protokoll. Und, äh, dem See der... Dingens. Der andere, der andere Serie, ihr wisstet ihr, ihr kennt euch besser aus. Und heute, äh, werden wir uns im Weg nach, äh, Blizzach oder Blitzach, äh, ebnen. Und... Ich weiß nicht ganz, wie das laufen wird. Aber ich denke, als Präventivmaßnahme werde ich direkt in den Shop gehen und eventuell ein, zwei, hundert verschiedene Ladungen an Schutz kaufen. Denn wir werden im Kraterbeck unterwegs sein. Und das wird langweilig. In erster Linie wird es absolut keine Pokémon für uns zu fangen geben. Sebastian, ich habe eine Menge, ich habe eine Menge Geld verdient. Ich gönne mir heute was. 25 Stück. Fluchtzahl müssen wir da haben. Hyperheiler. Nehmen wir drei Stück mit. Und eine Sache, die ich mir eben anmerken kann, weil ich das ein paar Mal gehört habe. Ähm, war die Frage, ob, äh, Status Heilungen... Warte, ich brauche keine Hypertränke. Äh, das sind ein paar Hypertränke. Man kann sagen, ich brauche keine, aber... Ich denke, es würde doch nicht schaden, wenn ich mal zehn Stück dabei habe. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. Auf jeden Fall kam die Frage auf, ob nicht Status Heilungsitems auch als Heilungsitem zählen. Und ich glaube, ich habe in Einkampf Riesel, äh, Borat zweimal geheilt. Aber, keine Ahnung, war schwer nachzuvollziehen. Auf jeden Fall ist die Antwort, äh, nein. Ich meine, sie sind beide in der Medizintasche zugegeben. Aber sie haben verschiedene Kategorien, während man kämpft. Und das ist die Ausrede, die ich dafür verwenden werde, denn... Ich komm schon. Komm schon. Ich will mit Teilung in manchen explizit Items, die, äh, KP auffüllen. Denn ich habe das Gefühl, wir werden... Pff, ach ja, warte, wie sieht es vm-technisch eigentlich aus? Ich habe das Gefühl, wir werden nicht fertig, wenn wir das sonst anders regeln. Äh, irgendjemand von euch muss Stärke lernen. Schneeblein hat keine vm. Hm, man, man. Wie wäre es also, wenn wir Schneeblein-Verfolgung, äh, verlernen lassen würden für Stärke? Ich denke, das wäre, äh, ziemlich akzeptabel, wenn ihr mich fragt. So, Stärke. Denn wir werden Stärke definitiv brauchen. Ich hoffe einfach, dass wir Zertrümmerer nicht brauchen werden, aber das sollte schon hinhauen. Äh, ihr habt auch Schneeblein. Äh, dann wiederum, könnte es für Trashy okay sein? Oh, nein, wir machen für Schneeblein. Schneeblein wird zu schnell sowieso nichts anderes lernen. Und auch wenn, ähm, dann können wir einfach noch Eroas verlernen, welcher relativ nutzlos ist, ehrlich gesagt. So, wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, für Schneeblein ist es direkt an der Zeit, an die erste Stelle zu gehen. Nicht stärker, an die erste Stelle. Und dann betritt wird den Kraterberg und sehen, wie es laufen wird. So, ich werde jetzt erstmal kein EP-Teiler aktiv haben, außer Schneeblein trägt einer. Trägst du einen zufälligerweise? Lachs? Oh, okay. Ähm, warum, weil ich kann aktivieren? Ganz einfach. Wir, wir müssen ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, denn, äh, leveltechnisch, wir fallen ein bisschen zurück. Und das ist nicht unbedingt allzu hilfreich, wenn es darum geht, weiterhin zu überleben. Kann man ja nicht die Items irgendwie sortieren, das würde mein Leben erleichtern. Nein! Wir brauchen direkt Zertrümmerer. VMs, ihr fehlt mir nicht. Apropos, gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, oh Gott, wer bricht's da drüber? Aber ich hab noch keine Ahnung. Das ist so ein schlechter, es ist, tut mir leid, Schneeblein. Es tut mir wirklich leid, aber dein Eura-Assist ist leider auch echt nutzlos. Es dauert noch ein paar Level, bis du Steinkante lernst. Bis dahin werden wir wohl so durch... Ich, ich verspreche's dir, wir werden Zertrümmerer verlernen, sobald wir hier raus sind, okay? Versprochen. Aber dafür müssen wir erst hier raus. Auf jeden Fall. Zum Zeitpunkt dieses Videos kam gestern, äh, es kam wieder eine neue Welle von, äh, Trailern zu, äh, dem Remake von, äh, Poké und Diamant und Perl. Und, ich hab jetzt in der Zwischenzeit, seit es einkündigt wurde, ich hab ein paar Stunden Platin gespielt, wie euch wahrscheinlich Mimikry, wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist. Knapp 20 Stunden. Und, ähm, vor allem, weil ich's aktuell auch spiele, muss ich sagen, äh, es ist immer alles Geschmackssache. Das ist mir durchaus bewusst, aber... Mein Gott, sind die schlecht aus. Diese Remakes. Ja, da kann ich nicht runter. Es sieht so viel schlechter aus als die Originale. Oh Gott. Ähm, ja, ich, 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 ich hab das Gefühl, die, die werden mich, äh, nicht überzeugen. Es ist einfach nur so eine Vermutung von meiner Seite aus. Ich hab das Gefühl, dass einfach alles vom Arzt daher bei diesen, äh, bei den originalen DS-Teilen so viel charmanter ist und so viel interessanter. Ganz abgesehen davon, dass, äh, hier, sie hier eine Ausrede dafür haben, dass die Dinge nicht animieren. Und, wisst ihr was, reden wir nicht so sehr darüber. Ich weiß, Leute sind da, es ist ein sehr, es ist ein sehr hitziges Gebiet. Versteht, versteht bin ich falsch. Ich bin da, stückweit auf eurer Seite. Ich, wie gesagt, ich hab's sogar in diesem Playthrough angemerkt. Ich hab dir mit Auflockern, oder? Doch. Ähm, wie machst du eigentlich Auflockern jetzt noch? Ich brauchte Schwert und Schild, obwohl das, äh, gefühlt alle wirklich nicht so gut fanden. Aber, ähm, Remakes sehen nicht gut aus. Äh, es ist wie, es ist die gleiche Situation wie mit den, äh, Mario-Ruigi-Remakes, die von 3DS rauskamen. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie besser als die Originale aussehen und das wieder genau das gleiche Konzept. Außerdem, will das Pokémon, darf ich das fangen? Nein, natürlich nicht. Ja, ist nichts Neues. Wir waren, wir waren bereits im, äh, Kraterberg. Ich hoffe, ein Steinnagel dafür opfern, will ich nicht. Wir machen Stärke. Gegenstoß? Müsste nicht so stark sein bei Bullpicks als, äh, yeah, yeah, okay. Das war akzeptabel. Sag mal, was ist mit Stärke los? Warum muss er erstmal drei Minuten sich vorbereiten, bis der Angriff kommt? Haben Sie gesehen, wie langwierig die Animation ist? Zu nervig. Aber ja, ähm, sah nicht sonderlich gut aus. Ich hab das Gefühl, ich werd bei dem Original bleiben. Vor allem, weil ich, ich freu nämlich gerade ein bisschen mit der Platin an. Ich hab das Gefühl, Diamante und Perl sind problematisch, weil sie wirklich langsam sind. Oh mein Gott, sind diese Spiele langsamer Platin? Platin ist okay. Dann kommt das Remake um die Ecke und sagt, hey, seh ich nicht besser aus? Und ich denke mir, nein, nein, das tust du nicht. Du kannst mir nicht einfach meine neu gewonnene Platinerfahrung nehmen und sagen, dass sie schlecht aussieht. Das werd ich nicht zulassen. Das werd ich nicht akzeptieren. Also ich könnte hier auf jeden Fall Surfrunden einsetzen. Und ich muss an der Stelle ehrlich gesagt gestehen, ich hab absolut keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Und wir gehen einfach mal und schauen, wo wir rauskommen. Ich, 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 ich weiß es wirklich nicht. Pokéball! Ein Hyperball! Ist nicht nur ein Pokéball, ist ein Hyperball. Dann würde ich sagen, wir surfen einfach mal darüber. Oder auch nicht. Doch, wir surfen rüber. Okay, und dann nehmen wir zwischendurch noch ein bisschen Training mit, denn natürlich tun wir ja was. Ein Glaciola Level 34. Das trifft sich gut, denn Glaciola hat, wie es der Zufall so will, eine gewisse Schwäche gegen Gesteinsangriffe. Und, äh, Schneebler in der Gegend hat, wie es der andere Zufall so will, eine relativ hohe Verteidigung allem gegenüber. Apropos über Glaciola habe ich gehört, dass das wohl ein Pokémon ist, welches zu der Zeit so mit den höchsten Spezialangriffe hatte von Generation 4, äh, hat der Standard gemacht keinen guten Schaden. Das heißt, wenn ich irgendeine Möglichkeit finde, Glaciola in meinem Team einzubauen, sollte ich darüber nachdenken, ob ich das nicht machen will. Ich werde darüber nachdenken, und zum aktuellen Zeitpunkt ist es ja schwierig, weil, ich meine, es ist zu mir leid. Auch wenn es eventuell die Möglichkeit bestehen könnte, dass es besser ist, ich werde Sitzband nicht aus dem Team kicken für Glaciola. Glaciola, denn darüber werde ich gar nicht erst nachdenken. 952, das ist doch eine ordentliche Menge an Erfahrungspunkten, Verteidigung plus 3. Sehr schön. Und noch ein wildes Pokémon. Gleich kommen keine mehr, keine Sorge, sobald wir, äh, den Draster, okay. Draster wird wahrscheinlich Teleport einsetzen, aber wir werden trotzdem versuchen, es zu bekämpfen mit der Stärke. Begrenzer. Oh yeah, wir hatten auch mal, äh, ich glaube, in der zweiten Assault Challenge ist ein starkes Gardevoir. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es, äh, hieß. Ich glaube, es war immer ein, äh, männliches Gardevoir, das immer sehr, äh, passend ist. Und das war Trasla. Und danke für meine 200 Erfahrungspunkte. 340? Wahnsinn. Weiß ich, ob die AP wertig dafür investiert habe? Ich glaube nicht. So, wo wollen wir am besten hin surfen? Wir haben hier einen Pokéball. Sprudel. Mmh. Ich habe gerade eine Flasche Wasser in der Höhle gefunden. Oh, der ist so lecker. Dann nehme ich doch gleich mal einen Tiefenzug. Äh, ja, ich glaube, ich kann ansonsten nach oben. Ich meine die Surfermusik, glaube ich, nicht aus Generation 4. Ist ja ein bisschen zu idyllisch. Bisschen zu wenig. Wir haben hier einen Brief. Bisschen zu wenig Abenteuer. Wisst ihr, was eine gute Surfermusik hatte? Generation 2. Oh, ein Hundemon. Okay, Hundemon. Du triffst dich gerade ziemlich gut als wildes Pokémon, denn du gibst gute Erfahrungspunkte. Du sollst dich als wie gegen Schneeblein machen können. Und hast du Schwäche gegenüber Gesteinsangriffen. Vorher sah es natürlich neutral, aber komm schon. Schneeblein. Das ist einfach nur ein Ziegelstein. Nein, wisst ihr was? Ein fester Stein. Granit. Ist granitfest? Ich vermute. Marmor. Schneeblein ist Marmor. Okay. Und, äh, ja. Da wird man nicht so leicht durchbrechen. Auch wenn es gerade dafür, dass ich mich so für seine Verteilung einsetze, sehr viel Schaden genommen hat. Ah. Wer wird so einen Dämonen besiegt? 1020 Erfahrungspunkte. Okay. Ich denke, wir genehmigen uns mal eben eine Kumo-Milch. Dann trainieren wir mal eben ein bisschen weiter, wenn ja sowieso gerade ein paar passende wilde Pokémon sind. Ich würde ganz gerne wenigstens Schneeblein Richtung Level 34 bringen. Damit wir schon mal hier... Damit es hier auch schon mal über dem Level der wilden Pokémon ist. Und ich denke, dass wir von der Level-Kurve her relativ hilfreich für Pokémon, die wir ins Team nehmen wollen. Eine blaue... Blaue Flöte! Oh, die Kampf-Items-Tasche. Oh, damit kann ich schlafendes Pokémon aufwecken. Yes! Sie wollen hier noch runter und da unten noch ein paar... Äh... Lassen wir ihn nicht übertreiben. 5000 Steine kaputt machen, bis wir ein Item holen können. Und Schutz wirkt nicht mehr. Das ist mir durchaus aufgefallen. Das heißt, ich werde gleich noch einen einsetzen. Ah. Sie haben leider noch eine Generation gebraucht, bis sie auf die Idee kamen, hey, wenn Schutz ausläuft, vielleicht sollten wir den Spieler einfach fragen, ob er noch einen einsetzen will. Statt ihn einfach auslaufen zu lassen. Aber es kommt erst Generation 5 leider. Oh, und wie Senior! Oh, das hätte ich gerne gefangen. Aber es sollte nicht so sein. Äh... Und mehr Stärke. Oh, Gott. Das ist noch mal dran. Ich glaube, Erholung hat auch, ähm... Ich schalte noch Stärke. Zu wenig. Ach, Gott. Erholung überschreibt halt auch Paralyse, die ich austeilen kann. Äh... Und mit Krokodok rein. Lassen Krokodok den kleinen Kampfangriff machen und dann sollte das auch schon wieder alles wesentlich besser aussehen. Ein Himmelhip, um genau zu sein. Das war der Angriff. Mir ist der Name nicht eingefallen, aber der, der ist er. Der steht ja vor mir. Und das dürfte wie Senior gewesen sein. Ich glaube, es lebt noch, ehrlich gesagt. Senior sollte ein bisschen mehr Verteilung haben als nach einem... Das war nicht mal ein Stab-Angriff. Du gehst einfach drauf. Das ist schwach. Und es gibt auch keinen Erfahrungspunkt. Das ist ebenfalls schwach. Vielleicht bekommen wir aber noch Glaciola. Das wird ziemlich gut als Gegner für, äh, schnell bleiben. Damit es sich selbst ein bisschen trainieren kann. Ach, schon wieder. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Okay. Er hat den Kampf überstanden. Er hat ein bisschen gedauert. Wie Senior hat sich aufgeheilt und hat einen Angriff überlebt. Und willkommen im Kraterberg. Wofür das denn? Oh, das ist ein bisschen spukig. Ein Wasserbrief! Deswegen ist es hier so blau in der Gegend. Ich frage mich, ob man hier eine von den Tafeln findet in den Originalspielen. Vielleicht eine Wassertafel oder sowas. Dann kommt irgendeine Nachricht. Und das war schon ein Kraterberg? Warte, das war ein Kraterberg! Oh, ich liebe das Lied von hier. Oh, das ist das Leben! Das ist ja schon, das ist fast Oktober. Ja, das ist schon fast Oktober dieses Jahr. Das heißt, bald wird es auch langsam kalt. Ah, will ich? Ich will hier ein Zoolgras. Oh, das ist einfach nur, das ist einfach nur ein gutes Lied. Oh, denn der Schutz ist noch aktiv. Wir finden schon noch was. Keine Sorge. Ich bin mir relativ sicher, damals in Pokémon Diamant, in der Randomizer Nasog, habe ich hier ein... Oh, ein Verstelker! Oh Gott, wie heißt das? Das ist mit den Diamanten, Typ Geist und Unlicht. Zubiris! Ich habe hier einen Zubiris gefangen. Aber heute nicht. Denn heute bekommen wir Vostelker. Es ist Kalle die Festung. Aus einer Nasog Challenge, die nicht existiert und deswegen reden wir nicht darüber. Und es hagelt. Ich glaube, es hagelt! Können wir uns doch einen Stein hageln? Ich würde sowieso keinen Schaden machen, wenn ich mal raten müsste. Ja, das ist... Das ist absolut nichts. Es muss mal fairerweise sein, dass er Vostelker auf dem Typ Stahl und Käfer ist. Das heißt, der Standard ist sowieso nur neutral. Ähm... Käfer... Moment... Ein Käfer-Pokémon? Gibt es dann nicht einen gewissen Ball, der sehr gut ist für Wasser- und Käfer-Pokémon? Hm... Wenn ich doch nur so einen in meinem Besitz hätte. Und wir haben Vostelker gefangen. Was schon wieder ein Stahltyp wäre. Ich habe das Gefühl, wir kommen ganz typentechnisch nicht so ganz fach an aktuell. Beutelwurm. Dieses Pokémon ist von einer Stahlhülle umgeben. Seine stechenden Auge sind alles, was man von ihm sieht. Ja, wie sieht Vostelker eigentlich unter der Schale aus? Das sind die Fragen, die wir uns alle stellen. Und es ist natürlich Kalle, die Festung. Ganz offensichtlich. Denn Kalle, die Festung ist eine Festung. Dann kommen wir nicht einfach vorbei. Das Problem ist, wir haben schon eine andere Festung in dieser Nase-Log. Schnellblein, die Festung. An der kommt man auch nicht so leicht vorbei. Ich bin ein Elite-Kämpfer, aber die Kälte ist mein Erzfeind. Vielleicht solltest du nicht im Schneegebiet unterwegs sein. Das ist einfach nur so ein Tipp. Oh Gott. Am Rande. Diese Schneeeffekte, die emulieren sich nicht gut. Level 39. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir sind sehr unterlevelt. Ich denke, bevor ich dann zur nächsten Arena gehe, sollte ich wahrscheinlich versuchen, mindestens Richtung Level 40 für alle Pokémon zu erreichen. Wahrscheinlich wäre es vernünftig, wenn man Richtung 42 gehen würde, aber wer soll ich mir die Mühe machen würde? Denn mit euch das Randomizer ist, haben die Pokémon sowieso super miese Move-Sets und das erleichtert mein Leben und gemein Knirscher. Und das war nicht so viel Schaden. Und da ist der Taucher. Oh, das Sargelt. Ich habe das Gefühl, dieser Kampf könnte noch ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht, dass der Geiner bis tatsächlich... Ach Gott. Das ist ein dumme Wasserring. Ach, wirklich? Ich dachte, der Seganer bis wäre schneller als ich. War es wohl nicht auch schneller als ich? Und jetzt der Wasserring. Oh Gott. Mach bitte nicht nochmal Taucher, sonst dauert der Kampf nämlich Jahre. Ach, natürlich macht es Taucher. Okay, ich bin mir unsicher. Was, wenn ich jetzt einfach Surfer einsetzen würde? Trifft Surfer, wenn ein Pokémon untergetaucht ist? Ich weiß es nicht. Es könnte aber sein... Es trifft. Yeah. Will ich auch hoffen. Au. Außer Geiner bis hat keine gute Spezialverteidigung. Wäre das möglich? Also eine Menge Schaden, die es da gerade genommen hat. Ich mag es überhaupt nicht, dass es hier jetzt die ganze Zeit überhagelt. Ein Arcani. Hm. Ich könnte auswechseln. Aber ich könnte auch einfach Surfer einsetzen. Und Arcani sieht aggressiv aus, diesen Sprites. Surfer! Los, Krokodok! Surfer Arcani in den Boden. Oh, das war ziemlich akzeptabel. Und da ist der Brüller. Oh, das ist ein Brüller. Oh, du bist direkt in meinem Falle getappt. Ich sollte wahrscheinlich einfach Sitzbank jetzt ein bisschen trainieren. Dass Sitzbank keinen Schaden durch Eishagel nimmt. Mit Eishagel meine ich den Hagelsturm. Und Surfer. Aber ist es überhaupt hier ein Hagelsturm? Ich hatte ja das Gefühl, dass hier nur ein bisschen schneit. Hagelsturm ist immer ein bisschen sehr extreme Wetterlage. Habe ich das Gefühl. Von dem Hagelsturm will man nicht betroffen werden. Larka. Oh, das ist Slake. Nein, heißt es nicht. Hat der Gegner weniger als die Hälfte. Und am maximalen KP trifft diese Attacke mit doppelter Angriffskraft. Doppelte Kraft ist in dem Fall mehr als Hydro-Pumpe. Ich würde sagen, weg mit der Hydro-Pumpe an dem Punkt. Hydro-Pumpe hat uns hervorragende Dienste erwiesen. Aber Larka trifft halt auch öfter. Ich denke, Larka ist die richtige Entscheidung. Vino, bin ich etwa auch ein schwacher Kämpfer? Nein. Schwach ist jetzt so ein großes Wort. Aber die Akkus von meinem Controller sind leer. Moment, habe ich nicht. Ein USB-Kabel hier. Da ist es. Darüber habe ich meinen 3D erst ums angeschlossen. Dann werde ich mit einem Controller am Kabel spielen. Wie ein Tier. Oh, hallo. Willkommen zurück im Jahr 2012. Als wir als Gesellschaft der Meinung waren, dass Controller am Kabel eine Sache ist, mit der man leben kann. Oh Gott. Es war mir ein bisschen Angst, dass ich gegen die Eventuell die Auflösung unterschrauben. Aber wisst ihr was? Ich werde es aus Prinzipem nicht tun. Habe ich Sitzbank an die erste Stelle gepackt? Ich glaube, ich habe nicht dran gedacht. Weil ich zu sehr damit beschäftigt war, das Kabel zu finden. Oh, Nidoqueen. Seht ihr? Das hätten wir auch. Wir könnten 42. Wir könnten sich einfach so einsetzen. Okay. Ah, ja. Ja, definitiv Sitzbank an die erste Stelle packen. Und dann sollte ich schauen, dass ich mein Level 40 anpeile mit all meinen Pokémon. Au. Oh, oh. Ist jetzt nicht so viel Schaden. Aber ist jetzt auch nicht wenig Schaden. Aber dafür können wir uns heilen mit Überresten. Wir können schauen, wie viele Einwehren inzwischen eigentlich. Von 3 auf 12. 9 KP. Das ist das Leben. Eisstrahl. Guten Schlag. Ich habe das Gefühl, Nidoqueen lernt auch nicht so viele Angriffe. Kann das sein? Das wäre übrigens auch eine Sache gewesen mit Rosapfel. Rosapfel hätte absolut keine Angriffe mehr gelernt. Null. Was ziemlich cool ist. Ist auf jeden Fall eine Sache, bei der ich sehr froh bin, dass sie die geändert haben. Denn, mein Gott. Warum haben sie überhaupt so lange gebraucht? Warum gibt es so viele Pokémon, die, wenn sie entwickelt sind, einfach keine Angriffe mehr lernen? Warum dachte irgendjemand irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, dass das eine gute Idee ist? Vor allem dachte ich, dass das eine Sache, wenn die Generation 4 keine Sache mehr ist. Aber ich lag falsch. Diese Pokémon, die nichts mehr lernen, gibt es nach wie vor in Massen. Also. Äh, wir packen Sitzbank an die erste Stelle. Und dann geben wir Sitzbank ein bisschen Kumo-Milch zum Trinken. Und dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Ich habe nicht mehr viel Kumo-Milch übrigens. Weißt du, ob ich ein guter Zeitpunkt für mich ist? Ja, weiß ich, ob ich schon mal dabei bin. Bei guter Zeitpunkt könnte ich tatsächlich ein paar Hypertränke zu kaufen. Heilen wir den guten Krokodok auch noch auf. Oh, da können wir einen Kaxler einsetzen. Aber den haben wir noch nicht. Kaxler war das letzte vor allem, die man bekommt? Ja, wieso? Hallo? Immer bereit, wenn man die Pflicht ruft. Jede Herausforderung annehmen. Das ist die Art und Weise eines Trainers. Ja, das sagst du. Gott. Togekiss. Das ist ein absolut hervorragender Gegner für Sitzbank. Togekiss ist direkt bereit, den Eistrahl abzubekommen und davon jede Menge Schaden zu nehmen. Setzen wir doch gleich einen ein. Oh oh, es leuchtet. Oh oh. Ich frage mich, warum Himmelsfeger... Ah, vorbei. Himmelsfeger ist, glaube ich, okay. Wollte ganz ehrlich, ich frage mich, warum Himmelsfeger überhaupt noch eine Sache ist. Aber ich denke, Himmelsfeger ist okay. Was wirklich mies ist, ist Klingensturm. Aber ich glaube, Klingensturm erhöht inzwischen beim Aufladen auch irgendwelche Stats. Aber ich vertraue dem Ganzen trotzdem nicht. Und Himmelsfeger hat mich auch nicht überzeugt. Aber wisst ihr, wo Himmelsfeger ziemlich cool war? In Pokémon Stadium. Die Animation von Himmelsfeger. Mein Gott, es war einfach dieser helle, leuchtende Vogel, der auf den Gegner zugeflogen kommt. Das war ziemlich cool. Und ein Ibitak. Das ist ebenfalls sehr anfällig für meinen Eistrahl. Also sollen wir nur recht sein. Eros. Das ist kein starker Angriff. Zum Glück setzt es kein Borschnabel. Das macht mehr Schaden, als ich mir wünsche mir den. Ibitak hat, glaube ich, generell auch eine Menge Angriffen. Und das war's. Volltreffer. Wie viel Erfahrungspunkt bekommen wir? 1353. Also Erfahrungspunkte technisch sind wir aktuell wirklich gut unterwegs. Das ist eine relativ angenehme Sache. Denn wir brauchen noch ein paar Levels, bevor wir im Spiel weiter voranschreiten. Pion Draghi. Das war, glaube ich, Gift und Unlicht. Das heißt, ich mache einfach Surfer. Käferbiss. Wenn ich jetzt eine Beere hätte, das hätte der Eiskörper eine Beere weggegessen. Das wäre einfach doch grausam. Komm schon, die Hälfte. Nein! Oh, vielleicht... Komm schon, die Hälfte. Komm schon. Nein! Das reicht nicht. Oh Gott. Wenn das auf die Hälfte gegangen wäre, hätte ich jetzt eine Lake einsetzen können. Dann hätten wir direkt Pion Draghi gekillt. Aber es sollte nicht ganz so sein. Ich bin mir unsicher, ob das mit Hydro-Pumpe-Vergessene gute Entscheidung war fürs Protokoll. Ich meine... Macht das so viel Unterschied? Ich habe Hydro-Pumpe generell auch nicht so oft eingesetzt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es sich als gute oder schlechte Entscheidung entpuppen wird. Ich denke, vor allem gegen Stärke-Pokémon sollte Lake wirklich hilfreich sein. Einfach, weil es nicht daneben geht und doch noch ein bisschen stärker ist. Und Level 38. Das geht aktuell wirklich schnell. Ach ja, nimm diesen Schneeball, du Rabauke. Nein, du nimmst meinen Schneeball. Nimm dich einfach den Schneeball auf mich. Was soll denn das? Was ist das für ein Verhalten? Oh ja, die Skifahrer. Ich erinnere mich. Sanftglocke. Das ist, glaube ich, Sanftglocke Nummer 4 oder so. Aber lass ich mal eben noch zurückgehen. Denn ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich unsicher, ob es da längst nicht noch weitergegangen wäre. Ich dachte, hier oben wäre nur ein kleiner, optionaler Weg. Ich habe auf jeden Fall noch einen Typ. Oh, es wäre hier weitergegangen. Ein warmes Bett bringt warme Füße, würde ich sagen. Wir halten uns direkt auf. Oh, diese Hütte hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Immer das Gemüche. Also fühl dich wie zu Hause. Möchtest du dich ausruhen? Yeah. Mein Zuhause hat auch schon bessere Tage gesehen. Also kann ich mich damit identifizieren. Und ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Das Haus ist quasi wie ich. Okay. Zeig, was du hast. Bist du ein Anfänger oder schon weit fortgeschritten? Ich meine, ich habe sechs Orten. Ich denke, ich könnte mich als durchaus fortgeschritten bezeichnen. Und das ist das fortgeschrittste Puppen von allen. Und ein A. Ich glaube, im Randomizer ist das einzige Kognito, das auftauchen kann bei Buchstabe A. Das ist der erste Buchstabe des Alphabets, falls ihr ein bisschen Hilfe braucht, das zu entziffern. Und Surfer. Ja, das ist aus dem Volltreffer. Die Kognito ist ein dummes Pokémon. Ich weiß nicht, gibt es so ein schlimmeres Gimmick-Pokémon als die Kognito? Ich meine, andere Gimmick-Pokémon können wenigstens irgendwas. Die haben irgendwie ein Gimmick bei der Entwicklung oder sowas. Die können ihre Formen ändern. Aber die Kognito ist einfach nur... Es gibt verschiedene Formen, aber können halt alle keine Angriffe lernen. Das ist halt echt unnütz. Ne, schau mal hier rüber. Hier hat es bestimmt noch... Oh, okay. Ich hätte hier... Okay. Okay, verstehe. Ich hätte die ganze Zeit einfach hier auch so rumgehen können, wenn ich das gewollt hätte. Aber ich wollte nicht, aber ich hätte es tun können. So weit, so gut. Das heißt, wir haben hier so weit alles abgegrast. Und dann würde ich fast sagen, wir machen hier noch ein, zwei Trainer. Ich denke, dann sollte es nicht mehr allzu weit sein, bis wir auch in Blizzard ankommen. Ich kämpfe immer ernsthaft. Das hier ist kein Training. Für mich ist es tatsächlich ein Essene Training. Ich denke, die ernsthaften Kämpfe werden gegen den Arena-Leiter sein. Aber zeig einfach mal, was du drauf hast. Ein Lusho King. Das ist natürlich denkbar ungünstig für die gute alte Sitzbank. Denkbar ungünstig. Aber CocoDoc wird das unter Kontrolle haben. Und Lusho King macht euer Zen-Kopfstoß existiert schon in dieser Generation. Ich glaube, Zen-Kopfstoß und Psychoklinge waren so die einzigen beiden physischen Psycho-Angriffe, die es damals gab. Was auch schon mal anfangs ist, weil es bedeutet, dass es überhaupt physische Psycho-Angriffe gibt. Das ist eine Sache, bei der man eigentlich meinen würde, dass sie sich ausschließt. Dann wiederum geht das gleich für spezielle Kampf-Angriffe und Aurasphäre existiert ebenfalls. Und es hagelt. Oh, Schreck. Kann ich mal sagen, der Schaden von Knirscher schwer in Ordnung. Vor allem gemessen an, dass wir gegen Lusho King kämpfen, welches eigentlich eher ein bisschen mehr tanky ist als Pokémon. 6,9, 4, 6,9, 4, 6,9. Und als nächstes, was setzt du als nächstes ein? Au. Ein Zapdos. Das bedeutet, ich sollte vermutlich eher nicht mit Kokodach und Sitzbank kämpfen. Das verstehe ich. Schnäblein. Wollen wir? Wir ziehen es heute durch, Schnäblein. Zeig, was du drauf hast. Heute ist der Tag zu glänzen. Vorsicht, lass dich nicht pflücken. Und es hagelt. Aber ernsthaft, lass dich nicht pflücken. Das ist super gefährlich. Donnerbälle. Fangen wir damit an. Das erinnert mich darin, dass ich, ähm, damals im Duellturm, glaube ich hieß auch Duellturm in der Kristallition, den habe ich auf Level 100 mal geschafft. Und mein Team war Despotard, Zapdos und, ich weiß nicht was das andere war. Ich glaube, Mewtwo und, äh, ho und Lugia und sowas waren nicht erlaubt, aber das war mein drittes Pokémon. Hast du vielleicht sogar einen Hundemon? Ich meine Hundemon, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Despotard und Zapdos. Und da muss ich gerade denken. Hör auf, Scanner einzusetzen. Stelle dich deinem Schicksal. Das Schicksal von dir ist, von Steinen begraben zu werden. Züge es nicht weiter hinaus. Ich hasse es, wenn, äh, getrische Poké... Ah, Gott! Ich hasse es, wenn sie Schutzschild oder Scanner haben. Es ist, es ist einfach, es ist einfach so spaßig. Das ist nicht irgendein Elektroangriff oder sowas, den du machen könntest. Irgendwann ist das Schaden austeilt oder ist es nur Pflücker und Scanner. Ich meine, wenn es einen Angriff macht, der Schaden austeilt, dann hat es sich jetzt vorbereitet darauf. Die Spezialverteilung steigt, okay. Ja, das steigert mir den Spezialangriff, aber okay. Ich denke, Spezialverteilung ist auch okay. Und Scanner. Das Problem ist, ähm... Es gibt viele Probleme dabei. Aber das Hauptproblem ist... Äh, Zapdos hat der Zwinger. Das heißt, ich habe echt nicht mehr viele AP übrig. Okay, unser letzter Steinhagel. Oh, Schnäpplein hat es wieder mal geschafft. Das war ein sehr beeindruckender Kampf und überhaupt nicht langwierig und nervig oder so. Ah, da kommt noch ein Pokémon. Okay. Okay, ich bin bereit. Oh, Wahlreißer. Hm. Okay. Speckschicht. Und, ähm... Generell nimmt nicht allzu viel Schaden durch Hagel. Ich würde fast sagen, gar keinen. Ich denke, der stramme Max ist unser Kämpfer für diese Situation. Angeberei. Okay, das könnte interessant werden. Und es könnte auch, äh... Fürchterlich werden. Ähm... Oh... Nein, 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 nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich liebe den Gedanken daran, dass ich jetzt ein Erdbeben versuche. Aber... Ich weiß nicht, wie viel... Metacross, der stramme Max hat einen hohen, ähm... Er hat einen hohen, äh... Angriffswert. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er sich zufügen würde, wenn er sich jetzt selbst verletzt hätte. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Fangen wir also an mit Toxin. Auf, Angeber reinzumachen. Mit Trashy manchmal nicht allzu viel Sorgen. Trashy hat eine höhere Verteidigung. Bewirrung ist natürlich trotzdem ein bisschen nervig. Komm schon, Toxin. Nein. Was seht ihr? War nicht so viel Schaden. Komm schon, wir müssen nur das Toxin in Gang bringen. Und dann haben wir kein Problem mehr. Auch nur das Toxin. Ich bin, denke ich, hier nachher auch, äh... Okay, kannst du aufhören? Ernsthaft? Komm schon, Trashy. Yes. Okay. Ich denke, wenn Trashy sich jetzt nochmal vor Verwirrung selbst verletzt, würde das viel Schaden machen. Aber... Das ist okay. Wir haben alle Zeit der Welt an dem Punkt. Denn ich, äh... Ich halbe mich sowieso noch jeder Runde automatisch selbst. Äh... Machen wir den Nachthieb. Hey! 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 Komm schon, Trashy. Nein! Okay, das ist es einfach nur dämlich. Wir wechseln wieder rüber zum strammen Max und hoffen, dass wir nicht von Angeberei getroffen werden. Weil Reiss hat einfach die perfekte Taktik. Angeberei machen und dann Erholung. Oh Gott. Das ist so ein nerviger Gegner. Wie kann ein Gegner so nervig sein? Natürlich schläft es jetzt auch noch ewig. Oh. Das ist kein Schnarcher. Okay. Das ist ein Angriff, den ich nie einem Puchen von mir beibringe, weil... Das ist bestimmt nett, wenn man angreifen kann, wenn man schläft. Aber... Das ist echt kein guter Angriff. Psychokinese oder Erdbeben? Psychokinese. Und wie viel Schaden machen wir? Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr akzeptabel, aber... Das ist auch ein Volltreffer. Ich habe das Gefühl, weil Reiss, da wird es sehr tanky sein. Äh... Wie sieht es mit Erdbeben aus? Ich kann auch mal ein bisschen sorgen, dass es jetzt in der nächsten Runde direkt aufwachen wird. Und dann nochmal direkt Erholung einsetzen. Das wäre echt nervig. Komm schon, strammer Max. Zeig, wie stramm du bist. Komm schon. Oh, noch ein Volltreffer. Der gute, stramme Max. Hat es wieder mal geschafft. Und jedes Pokémon aus dem gesamten Team bekommt Erfahrungspunkte. Das war ein exzellenter Kampf. Äh. Ich fände ihn ehrlich gesagt eher ein bisschen nervig. Muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. Ich habe das Gefühl, deine beiden Pokémon waren echt nervig. Alter, ist okay. Äh, ich habe meine Pokémon nochmal auf. Und dann quatsche ich mir die Frau zu unserer Rechner an. Und dann würde ich sagen, wir sind fertig für heute. Ich habe keine Speckschicht, wie manche Pokémon sie haben. Daher ziehe ich mir hier nach dem Prinzip Zwiebel an. Mehrere Schichten übereinander. Übrigens, weißt du eigentlich, was die Fähigkeit Speckschicht kann? Sie wird den Schaden in Eis- und Feuertacken verursachen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal kommen wir mit Blizzach an. Und dann, keine Ahnung, was uns dann erwarten wird. Wahrscheinlich werde ich dann meine Pokémon erst noch ein bisschen trainieren müssen. Aber beim nächsten Mal werden wir da sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Neilsorg Challenge. Das ist mir gerade versehen, nicht passiert. Das habe ich ganz vergessen. Man kann auf die Karte klicken und dann verpixelt sie kurz. Ja, das habe ich öfter, man, als ich dachte. Das kann ein Rennen sein. Mir kommen so viele Dinge aus dem Spiel immer so bekannt vor. Und jetzt, wo ich es wieder spiele. Ich glaube nicht, wie viel ich es damals gespielt habe. Denn meine Erinnerung war es eher so, dass ich die Generation gar nicht gespielt habe. Aber irgendwie, weiß nicht. Ich habe so viele Erinnerungen an so viele Dinge. Vielleicht habe ich doch mehr Zeit über verbracht, als ich jemals gedacht hätte. Oh, Tropius. Oh, Tropius. Oh, Tropius. Was würdest du davon halten, wenn du einen Eisstrahler abbekommst? Ich glaube, du wirst nicht überleben. Tropius sollte um keine Erfahrungsrunde geben. Tropius war immer so ein gutes Pokémon. Es ist wirklich schade, dass es nie akzeptabel war. Sondern immer sehr unterdurchschnittlich. Weil es ist so cool. Ich meine, es ist ein Dino. Oh, und er hat Nannabären als Kinn. Ich hoffe, niemand von euch wollte sagen Bananen. Denn es sind keine Bananen. Es sind ganz offensichtlich Nannabären. Oh, oh. Hallo. Bist du Arenaleiter? Oh, MOP-Männlich. Oh, dich hart, wenn du warst die Kampf-Arenaleiterin. Bist du zufällig auf dem Weg nach Blizzard? Da will ich auch hin. Wenn ich die vor einem Fliegen einsetze, kann ich auf direktem Weg dorthin gelangen. Aber ich laufe lieber. Das macht mir keine Probleme. Ich bin an Kälte gewohnt, denn ich laufe immer barfuß und in leichter Kleidung. Hahaha. Hatschi. Ach, das war nur ein Kribbel in der Nase. Nichts Wildes. Echt. Mir ist gar nicht kalt. Ich mache mich dabei auf den Weg. Pass auf dich auf. Mir ist auch nicht kalt. Ich habe gestern irgendeine komische Doku gesehen. Irgendwas mit gefährlichsten Wege zur Schule oder sowas. Und da waren sie in Allengluter. Und das war irgendwas von der kältesten Stadt. Keine Ahnung, irgendwo in Russland oder sowas. Wo sie dann im Winter minus 50 Grad haben und sowas. Also ich sage es euch, da beim Anschauen, da wurde mir auch ein bisschen frostig dabei. War eigentlich ganz interessant. War ganz nett. Der Busfahrer war einfach ein Typ, der immer sehr laute Musik gehört hat. Das war lustig. War ein bisschen wie Otto aus den Simpsons. Der Busfahrer. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Nur eine russische Variante. Und ja, das ist das Ende der Geschichte. Was für eine Fähigkeit hat eigentlich Sitzband? Ich glaube, ich sollte mal... Oh mein Gott, es war eine Menge Schaden. Ich sollte, glaube ich, generell mal kurz zurückschauen, was meine Pokon und alles an Fähigkeiten haben. Da bin ich mir nämlich gar nicht mal so sicher, ob ich das jemals nachgeschaut habe. Und ich glaube, es wäre gut, wenn ich das wissen würde. Ehrlich gesagt. Ich wünschte, Sitzband könnte sich bei Hagelsturm aufheilen, aber wahrscheinlich wäre das ein bisschen zu stark. Und ein Garados. Leider haben wir jetzt nicht wirklich was allzu Passtes gegen Garados. Deswegen eisstrahlen wir einfach mal drauf los. Hey! 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 Das war mein Hagelsturm. Und der hat dir Schaden gemacht und mir nicht. Es fällt dir eigentlich ein, den verschwinden zu lassen. Erstmal nicht viel Schaden. Ich denke, ich werde auswechseln. Dann wiederum, ich kann nicht wirklich auswechseln. Ich meine, ich könnte zu Krokodok wechseln. Wechseln wir zu Krokodok. Viel anderes ist auch nicht möglich, weil... Ähm... Garados wird wahrscheinlich einen Nassschweif machen. Und wenn Garados den Nassschweif macht, dann nehmen wir Schaden. Irgendwann sollte Krokodok, glaube ich, auch mal Nassschweif lernen. Uh, ja, das ist... Ähm... Ja, ja. Ja. Dafür, dass das nicht so effektiv war. Hoher Schaden. Knischere Eiszahn. Macht keinen Unterschied. Deswegen... Mir ist heute nach Eiszahn zumute. Vielleicht können wir Garados damit einfrieren. Ja, das macht sehr viel mehr Schaden, als ich mir wünschen würde. Müssen wir bitte einfrieren, Garados. Ich denke, ich werde wieder zur Sitzbank rüber wechseln. Das ist gerade. Das ist nicht gut. Warum macht dieses Garados mit dem Nassschweif so viel Schaden? Das war so nicht abgemacht. Also ernsthaft. Wenigstens ging er daneben. Ich glaube, der hat die 85er Trefferquote. So ist der Nassschweif. Vielleicht ist er auch der Nassschweif. Er weiß es schon. Eisstrahl. Auch wenn er so gut wie keinen Schaden macht. Ich hätte Lager einsetzen sollen. Oh mein Gott. Das macht auch so viel Schaden. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Okay. Eisstrahl. Garados wurde gefährlich in der Generation 4 mit dem Split und physischen speziellen Angriffen. Aber Wasser war ein spezieller Typ und das hatte ich durch Flugangriffe gelernt. Deswegen konnte man damit nicht ganz was anfangen. Aber mein Gott. In dem Fall. Schwierig. Schwierig. So, ich werde mal eben zurückgehen. Denn wenn wir eine Gratis-Heilung in die Ecke haben, dann würde ich die sehr gerne mitnehmen. Denn ich habe so eine Speckschicht. Haha. Ha. Aber, das heißt nicht, dass meine Pokémon unsterblich sind. Bis auf Sitzbank. Sitzbank sollte ziemlich unsterblich sein, aber ich will noch nicht den Ausgang der Videoreihe vorwegnehmen. Haha. Oh, ein Kabutops. Das ist so cool. Äh. Was machen wir dagegen am besten? Es ist vom Typ Gestein und Wasser. Das bedeutet, wir machen Surfer. Ja, ja, mach Ausdauer. Ist mir egal. Wir sind Surfer sowieso überleben. Vielleicht können wir da noch eine nette Lage einsetzen. Ja, ja, das ist, äh, ziemlich guter Damage soweit. Wenn Kaputops nicht gerade noch mal, ähm, Wasserdüse. Die macht nicht viel Schaden. Wenn es sich gerade noch mal, ähm, Ausdauer einsetzt, sollte der Kampf gelaufen sein, wollte ich sagen. Und der Kampf ist gelaufen. Level 39 für Sitzbank. Die Menge tobt. Wahnsinn. Aber keine Heilung mehr für uns. Dafür war fast Level 40. Das ist ziemlich gut. Man sollte wahrscheinlich dann noch eins mit einer anderen Pokémon trainieren, aber, äh, äh. Oh Gott. Ich erkenne Menge. Der Klettdorn. Klettdorn haben wir leider schon. Ich denke, ich werde versuchen, mich am, äh, anzuhalten. Schätze ich. Gegentage deprimieren mich irgendwie. Fällt hingegen Schnee, bin ich einfach nur überglücklich. Ja, Schnee, natürlich daran. Das waren Zeiten. Ein Radikal. Radikal kann, glaube ich, auch ein cooles Pokémon sein. Ich kam nur wirklich nie so ganz dazu, es einzusetzen, aber... Ich habe das Gefühl, wenn man es einsetzt, sollte es hilfreich sein. Aber... Ich schätze, es ist eins der Pokémon, die ungefähr bis Level 50 okay sind. Und ab Level 50 sollte es wahrscheinlich von den Stats einfach zu sehr zurückfallen. Aber bis es soweit ist, sollte Radikal ziemlich akzeptable Angriffe haben. Mit Hyperzahn und Superzahn und Megazahn. Und all die anderen Szenen, die es einsetzen kann. Einfach alles, wirklich stark. Serena ist ein Superzahn. Das ist nicht gut. Der macht nämlich die Hälfte an KP-Schaden. Das war mit der Abstand der stärkste Angriff, den Radikal hätte einsetzen können. Die Bedingungen waren alles andere als gut. Ich dachte, du mochtest das Schneewetter. Jetzt sind die Bedingungen nicht mehr gut, oder was? Komm schon, du musst dich entscheiden. Also, wo will ich am besten entlang gehen? Ich glaube, da oben links wird der richtige Weg sein. Oder auch nicht. Es könnte doch einfach eine Sackgasse sein. Oh, das ist sehr tiefer Schnee. Ich sehe ja nicht mehr viel. Ich mag, dass man einfach ein bisschen zur Mütze im Schnee versinken kann. Das sieht jetzt erstmal lustig aus. Aber glaubt mir, wenn ihr in der Situation seid, das ist Serena. Das ist ein kleiner Ninja. Wusch! Mich zur Decke erfordert enorm scharfe Augen. Meine Augen sind dann wohl gestochen scharf. Ein Lanturn. Lanturn sieht aus, als ob es mich umarmen wollen würde. Das weiß ich sehr zu schätzen. Zum einen. Zum anderen ist es denkbar ungünstig. Denn Lanturn ist ein Elektro- und Wasser-Pokémon. Und der Sitzbank ist nicht sehr effektiv gegen Lanturn. Und es könnte eventuell viel Schaden nehmen. Ampelleuchte. Okay. Ich habe das Gefühl, Ampelleuchte ist ein Angriff, den zu viele random Pokémon lernen. Gefühlt kann jedes zweite Pokémon aus irgendwelchen Gründen Ampelleuchte lernen. Der Angriff ist immer so ähnlich gut. Was macht der 65 Schaden und ist vom Typ Käfer? Ich meine, Käfer ist eigentlich ganz nett für Type-Compers, wenn man davon ein bisschen was da hat. Aber, eh. Ich weiß ja nicht. Und das war der dritte Volltreffer in Folge. Straber Max, du machst deinen Namen alle Ehre. Zum aktuellen Zeitpunkt. Du hast meine Schwachstellen erkannt. Ja, ja. Eine Schwachstelle war, dass mein Pokémon immer am Volltreffer landet. Also das muss man fairerweise sagen. Es ist von den meisten Gegnern eine Schwachstelle. Konstant von Volltreffern getroffen zu werden. Okay. Hallo, Skifahrer. Ich zeige dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. In der Skischule? Oh, der ist ein Profi. Der weiß, wovon er redet. Er ist kein Hobby-Skifahrer. Er war auf der Schule dafür. Piondragi. Piondragi sollte auf jeden Fall relativ empfänglich für einen Surfer sein. Würde ich einfach mal behaupten. Surfer! Grimwasser. Unangenehm, aber ich hoffe, wir werden es irgendwie überstehen. Gemessen an, dass Sitzbank sowieso langsamer war. Und war das die Hälfte? Es war eine geschmeidige Hälfte. Das heißt, wir können Larka einsetzen. Auch wenn bisher Larka da woran gescheitert ist, jeweils hilfreich zu sein. Aber irgendwann wird Larka noch hilfreich werden gegen stärker Pokémon. Es wird schon passieren, glaubt mir. Ich glaub, die Hydro-Pumpe dafür verlernt zu lassen war ein Fehler. Ich glaub, ich bin inzwischen so weit, das einzusehen. Aber machen wir das Beste draus. Ein Deoxys. Seht ihr, jetzt könnte Larka hilfreich werden. Beginnen wir also mit Surfer. Oh nein, ich sollte mit Konfustrahl beginnen. Denn wenn Deoxys sich selbst vor Verwirrung verletzt, nimmt es ungefähr 40% Schaden oder so. Wie kann Deoxys so wenig Verteidigung haben? Das war nicht mal... Das hat nicht mal versucht, sich zu wehren. Ist einfach nur wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Aber hey, erleichtert mein Leben. Und ein Cherox. Jetzt sehe ich noch, wir kommen wahrscheinlich irgendwie eine neue Weitertwicklung oder sowas. In Pokémon Legenden Arceus. Der da wurde irgendwann jetzt gezeigt, hatte zwei Äxte als Arme. Und die Arme war ein bisschen seltsam. Es hat auch irgendwie einen Namen, der so ähnlich klingt. Aber ja, das ist eine Sache. Da solltet ihr wissen. Machen wir Larka wieder zur Abwüchslung. Klingensturm. Das ist ein denkbar... Ungünstige Angriff. Stell dir mal vor, hätte ich für diesen Angriff eine Runde aufgeladen. Um dann 11kp Schaden zu machen. Ah ja, das... Das war nicht stark. Rich Boy Chloe. Ich kann es nicht fassen. Meine Techniken haben versagt. Ja, ich kann es auch nicht fassen. Aber es ist so sehr versucht. Los, Trashy. Es ist an der Zeit für dich, die Level 40 Grenze zu sprengen. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe das Gefühl, ich versinke ein bisschen im Schnee. Eine Labrus-Bär hat er. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich hin muss. Aber... Woher kommt das hin? Ich habe eine Karte dabei. Auf der sehe ich, dass wir... T-41 Lichtschild. Nicht übel. Auf der sehen wir natürlich, dass wir uns dem Ziel nähern. Oh, okay. Er hat also irgendwo die versteckte Maschine Kraxler verloren. Mensch, das war jetzt aber... schwer zu finden. Da wir natürlich ein aufrichtiger Mitbürger sind, fragen wir ihn, ob er sie zurückhaben will. Ich sage, er wird sagen, oh, was? Da hast du gefunden? Nein, das ist nicht meine versteckte Maschine. Wenn ich doch nur eine versteckte Maschine Kraxler auch hätte, dann könnte ich ihn steils bei der Klinik. Seufz. Hey, was ist denn das? Du hast sie vor allem gefunden. Ich habe sie bereits als verloren aufgegeben. Und nun kommst du. Bitte behalte sie und nutze sie gut. Ich mag deine Ehrlichkeit. Daher habe ich ja hier eine Belohnung für dich. Eine Frost-Tafel. Die Kräfte der Tafel werden von allen Pokémon geteilt. Diese Frost-Tafel habe ich auch unter dem Schnee gefunden. Ich bin zwar kein Experte, aber sie sieht antik aus. Vielleicht ist sie so alt wie die Region Sinnoh selbst. Ja, nein. Nein, ich denke, die Steintafel wurde irgendwann dann gemacht, als Menschen sich angesiedelt haben. Und clever genug waren, um irgendwelche Innschriften zu machen. Selbst ich musste schon Schrift erfunden haben. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen später gewesen. Oh, das ist für Tito. Das ist sehr spezifisch, das Tito. Ein eigenes Item, wenn das die Verteilung erhöht. Wir Skifahrer können Mutter natürlich die Sohlen der Skischuhe spüren. Ach so, und Fußgänger nicht, oder was? Was ist für die Diskriminierung von Fußgängern? Oh, das Mutter. Ich habe nichts gesagt. Die Diskriminierung ist in meiner Welt vollkommen in Ordnung. Möchtest du erstmal da nicht Sandsturm machen. Yep. Da ist der Sandsturm. Okay. Fangen wir mit Toxin an, so wie jedes Mal. Und schauen, wie weit wir dann mit Schlamm-Bombe kommen. Matsch-Bombe. Matsch-Bombe mit Matsch-Bombe. Der Gegenstoß sollte nicht extra Schaden machen. Au! Vielleicht hat er doch extra Schaden gemacht. Aber auch wenn nicht, weil das... Äh, warte, 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 warte. Ich glaube, ich muss mich zurückziehen. Ich glaube, ich muss mich zurückziehen. Wenn Trashy nochmal so einen Angriff abbekommt. Und der dann noch den Sandsturm, dann ist Trashy leider toti. Und ich will nicht, dass Trashy toti ist. Der setzt mir einfach Kokodok ein. Manchmal vergesse ich, dass Pokémon wie Despot existieren. Und auch wenn sie... Oh ja, das ist gegen Schluss sogar vom Typ und ich. Das müsste sogar Step-Angriff sein. Auch wenn man es nicht direkt meint, sind sie... ...absolut gefährlich. Okay. Etwas über die Hälfte, die wir noch übrig haben. Surfer. Man müsste gegen Schluss jetzt nicht mehr Schaden machen. Oh Gott, hoffentlich nicht. Töte Surfer. Töte, 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 töte. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Was passiert jetzt? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß einfach schlicht und greifend nicht, wie Gegenstoß funktioniert. Oder funktioniert Gegenstoß so, dass er extra Schaden macht, wenn der Gegner davor irgendwas gemacht hat? Ich dachte, man muss ihn davor angegriffen haben, aber... Okay. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Wir sind trotzdem gefährlich, nah dran zu sterben. Aber nicht komplett am Tod. Okay, wisst ihr was? Nein. Folgende Sache, was wir jetzt machen werden. Wir genehmigen uns eine Kumo-Milch. Warum genehmigen wir uns eine Kumo-Milch? Schöne ich das Radikal an. Sieht es nicht aus wie ein Pokémon, das einen verfolgen kann, wenn man sich zurückziehen möchte? Ich bin mir sicher, es hat Verfolgung drauf. Ja, schau. Ja, der macht nicht so viel Schaden. Und ja, das war das Risiko schlicht und greifend nicht wert. Kannst du dich einfach von Verfolgung killen lassen. Das ist einfach nur ein peinlicher Tod. Aber okay, das Radikal scheint neben dem Despot dann doch eine bekommene Abwechslung und Erholung zu sein. Aber manche Pokémon fangen langsam an, wirklich gefährlich zu werden. Und das ist nicht gut für mich. Ist gut für die Pokémon, aber definitiv nicht gut für mich. Ich habe einen guten Eindruck von meiner Stärke bekommen. Willst du mal einen Eindruck von meiner VM-Stärke bekommen? Nein, nein, will er nicht wirklich. Er hat Trashy sehr schnell, sehr stark runtergeschwächt. Ich denke, das beeindruckt ihn unbedingt. Trashy ist auch schon auf Level 39. Das ist akzeptabel. Wie denn ein Haus? Warum wohnen hier Leute? Wer wohnt hier? Eine Person. Ein seltener Anblick. Vielen Dank für dein Besuch. Ein Geschenk. Oh, okay. Der Banziker. Er versteckt Attacken vom Typ Geist. Möge er dir hilfreich sein. Ja, ähm. Ja. Ja, okay. Geister wohnen hier. Das erklärt einiges. Ich verwende das Eintopadar mit das Poketsch. Ich suche nach Dingen, die unter dem Schnee liegen. Ja, ich weiß, dass ich das könnte. Aber ich will ehrlich gesagt nicht. Warte. Route 217. Route 217. Und habe ich das komplett verpeilt. Oh, nein. Hier hätten wir Tropios, oder? Fällt mir gerade auf. Die Route, die neue Route fing... Äh... Oh, was habe ich hier? Wie hier im Popum begegnet? Okay. Ich werde jetzt... Nein, ich glaube nicht. Ich werde die Route mal eben nach unten gehen. Um mal die Schritte zurückverfolgen, um herauszufinden, wann die Route genau anfängt. Also, hier hat die Route angefangen, oder? Route 216, Route 217. Okay. Wir konnten auf Route 217 also ansonsten kein Pokémon fangen. Jetzt entschuldigt mich, ich bin wieder auf dem Rückweg. Ich glaube, der Schnee ist nicht so tief, wenn man hier, ähm... an den Bäumen entlangläuft. Das war eine komplette Fehleinschätzung. Äh, ist nicht so tief. Ich bin wenigstens nicht bis zur Mütze versunken. Also. Wilde Pokémon, habe ich mir sagen lassen, wollen hier von uns gefangen werden. Also, Schnäblein. Dann mach doch mal die Donnerwelle deines Lebens. Oh Gott, nein. 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 Ähm. Wir werden es versuchen. Aber ich weiß nicht, wie es jemals klappen sollte. Also, wir beginnen mit einer Donnerwelle. Das kann schon Drachenklaue. Okay. Oh, das Lied ist ein Hit übrigens. Donnerwelle. So weit, so gut. Aber es nimmt Schaden durch Hagelsturm. Hm. Ich denke, wir sollten es damit nicht vernünftig anschwächen können. Aber das ist vollkommen okay. Sitzbank! Wir brauchen einen Eisstrahl. Einen eiskalten Eisstrahl. Aquabelle. Unangenehm. Was ist denn das ein Hit? Nein! Nein! Sag es. Schau dich mal an, was Palkia für riesige Füße hat. Das ist seltsam. Warum hast du so riesige Füße, Palkia? Auf jeden Fall. Äh. Sie machen keinen Fußstrahl. Du hast mich verwirrt. Jetzt werde ich dich... Nächste Runde werde ich dich verwirren. Hier machst du es mir echt relativ egal. Die gute Sache ist, dadurch, dass es hagelt, ähm... haben wir echt nur ein paar Runden Zeit, um Palkia überhaupt zu versuchen entzufangen. Das heißt, damit sollte das Ganze wesentlich schneller vorangehen. Und da ist der Konfu-Strahl! Dann unter normalen Umständen, ich weiß nicht, dann würde ich wahrscheinlich alle meine Palkwelle aufrufen. Am Ende würde es sowieso nicht klappen. Und ich würde sagen, ah! Dieses Lied, das durchwandert viele Emotionen. Das ist auf der einen Seite dramatisch, spannend, aber auf der anderen Seite ist es sehr fröhlich manchmal. Das ist wirklich cool. Ich überlege, ob das nicht vielleicht eins meiner liebsten Kampflieder werden könnte, außer den Spielen. Das ist auf jeden Fall mein liebstes Generation 4 Kampflied. So, es ist immer ein bisschen Schaden. Ich denke, ein Eisstrahl und dann ist Palkia bereit, von dem Pokéball beglückt zu werden. Sitzbank, hör doch auf, verwirrt zu sein. Wie viel Schaden macht der Eisstrahl? Oh Gott, nein! Okay, macht nicht so viel Schaden, wie erwartet. Okay, wir haben jetzt zwei, drei Versuche. Palkia zu fangen. Und dann werden wir sehen, wie es läuft. Ich sehe kein Szenario, in dem es drin bleibt, denn Palkia ist sich für seine hohe Fangquote bekannt. Ja, ja, es eilt seinem Ruf schon fast voraus. Und da ist der Hagelsturm. Noch ein Ball. Und dann ist es vorbei. Ich hätte einen Flottball werfen sollen, fällt mir gerade auf. Ich schätze die Flottbälle. Und damit meine ich, ich unterschätze sie nicht, ich vergesse, was ich sie habe. Oh, wir haben so gut wie gefangen. Palkia gehört mir. Was? Oh mein Gott. Was? Räumlich. Es ist das Räumlich-Pokémon. Ein legendäres Pokémon aus der Sindoregion. Mit dem Atem von Palkia wird das Universum stabiler. Oh Gott. Warte, wir haben Palkia. Äh, was? Wie will ich das nennen? Ich habe keine Ahnung. Raum. Äh, äh. Wir nennen es, äh. Räumer. Räumer. Kann ich bitte einen Satz dazu haben? Räumer dein Zimmer auf. Okay. Ähm. Ja, äh. Ja. Äh. Hä? Ich bin auch nicht ganz drüber hinweg. 3 ist natürlich, wenn ich Palkia ins Team nehme. Ein großer Gott. Nein. Wenn irgendwas schief geht und ich einen schnellen Kandidat noch brauche, wenn wir uns in den Top 4 stellen oder so. Ja. Aber ansonsten. Natürlich nicht. Was ist das? Das ist so viel stärker als alle anderen Pokémon. Ich würde nicht Palkia ins Team nehmen. Es ist einfach nur eine Trophäe. Es ist ein Trophäen-Pokémon, okay? Ein bisschen davon haben wir schon ein Wasser-Pokémon. Zwei Wasser-Pokémon. Und ich will keins davon kicken, okay? Oh, die ultimative Gift-Challenge. Aber ja, ähm. Palkia wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn es darum geht, die Challenge zu schaffen. Keine Frage. Aber echt, ich will halt wirklich nicht. Ich denke nicht, dass es wirklich sinnvoll wäre für die Naso-Challenge, wenn ich einfach eins der Pokémon, die komplett OP sind, ins Team nehme. Natürlich wäre dir jetzt der geneigte Zuschauer würde natürlich sagen, hey, 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 hey. Hast du nicht zuletzt sogar in Part Nummer 19 davon erzählt, dass du mal ein Scheimen im Team hattest. In Pokémon Heart, Gold und Soul Sliver. Das ist richtig. Aber ich kann euch bestätigen, dass dieses Scheimen sehr weit davon entfernt war, auch nur ansatzweise so stark wie ein Palkia zu sein. Es ist, Scheimen lernt, glaube ich, auch erst auf Level 70 oder so wirklich Angriffe. Das heißt, er hat die ganze Zeit nur Zauberblatt gemacht und Wachstum. Das war alles, was es konnte. Es war eigentlich nicht so stark. Aber ja, das ist wirklich, das ist eine Stelle, wo wir wirklich, wo wir einen Schlussstrich ziehen müssen. Papinella hat einen winzigen Körper, fällt mir gerade auf. Denn es würde zu weit gehen. Außer, ich will es natürlich für die Zukunft nicht komplett ausschließen. Vielleicht werde ich irgendeinen Kampf komplett knapp verlieren oder so. Irgendwie den Kampf vor den Top 4 oder so. Dann werde ich bei Top 4 stehen und sagen, oh, mein Team besteht jetzt noch aus zwei Pokémon. Das mache ich jetzt am besten. Dann würde ich sagen, okay, weißt du was, Spiel? Weißt du was? Die Zeit ist gekommen, meine Geheimwaffe auszupacken. Aber, weil ich nicht den Grund habe, die Geheimwaffe auszupacken, werde ich die Geheimwaffe nicht auspacken. Die Geheimwaffe ist eine Metapher. Denn wenn man Palk jetzt Kopf genau anschaut, erkennt man, das ist ja doch gewisse, nur den Kopf allein und die Schulterpolster dazu, erkennt man gewisse, äh, phallusartige Züge. Das ist die Geheimwaffe, von der ich rede. Auf jeden Fall bekämpft wir Papinella. Und es wird jetzt ersterben durch Gift. Wie haben wir das Falk hier gefangen? Mein Gott. So ist es mir bisher halt auch noch nicht gelungen, dass wir so ein Pokémon tatsächlich mitnehmen konnten. Außer ich vergesse gerade irgendwas, was wahrscheinlich ist, denn... Wir hatten viele Pokémon-Nazlock-Challenges im Laufe von vielen Jahren. Das heißt, ich kann durchaus Dinge vergessen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir so ein, äh, legendes Pokémon von dem Cover mal hatten. Ein Tornupto. Ist ein akzeptabler Gegner für Trashy. Nicht perfekt, aber akzeptabel genug. Und, äh, wir werden direkt eine Matsch-Bombe einsetzen. Ich habe mich diesmal dagegen... Okay, dieses Tornupto... Sehr tief interessant. Ich freue mich, wie die KI von den Spielen, äh, funktioniert. Weil an sich müssen die Pokémon ja ungefähr erkennen, gegen welches Pokémon sie kämpfen. Und dann ungefähr wissen, welche Angriffe wir sie einsetzen. Das heißt, ein Stück weit sollte ja eine gewisse KI vorhanden sein. Aber gleichzeitig... Ich freue mich, ob die KI wirklich, äh, universell ist, oder ob sie nur auf, äh, das bestimmte Pokémon zutrifft. Kleines Beispiel. Äh, Tornupto. Keine Ahnung, was die Trainer stattdessen einsetzen würden, aber... Nein, dann haben wir auch beides, die Tornupto haben beide jeweils nur einen Ikla eingesetzt. Ich glaube, die breakt einfach die KI an dem Punkt manchmal, aus irgendwelchen Gründen. Auf jeden Fall. Äh, ob es nicht vielleicht eine KI ist, die, äh, von Pokémon zu Pokémon abhängt. Das heißt, wenn es ein Pokémon ist, ist das jetzt in dem Fall. Statt ein Ikla in einen anderen Angriff hätte, oder deswegen eingesetzt wird, aber... Das will ich wirklich erklären, warum zweimal nacheinander, ähm... Das gleiche Pokémon immer einfach nur... Äh, ein Ikla einsetzt. Oh, das ist nicht gut. Ähm, Krokodok, bleib stark, bleib stark, bleib stark, bleib stark. Nein! Nein! Das ist doch unfair! Das ist doch unfair! Das hätte doch keiner wissen können! Oh Gott! Der Krokodok! Wir haben ihn verloren. Oh, ich wollte aber noch, dass er Nasschweif lernt! Oh mein Gott! Und dass Tornupto lebt! Oh mein Gott! Der Krokodok hat so viele Tornupto bekämpft, so viele besiegt. Dieses Tornupto wusste, dass es alleine nicht in der Lage sein wird, diesen Kampf zu schaffen. Es hat sich zurückgezogen. Weil es genau wusste, dass ich dadurch dann direkt Krokodok rausschicken werde. Und es hat Krokodok in die Luft springen lassen. Das war eine absolut linke und hinterhältige Nummer. Und wir haben Pokémon verloren. Und das ist nicht gut. Das Pokémon, das wir verloren haben, war ein tatsächliches Teammitglied. Es war ein Teammitglied, das viel Abwechslung ins Team gebracht hat mit seinen Angriffen, die es hat. Oh Gott! Ey, das ist ein richtiger Angriff. Krokodok hat sich so gut geschlagen. Es war einfach immer wirklich gut. Und jetzt ist es von uns gegangen. Manchmal müssen auch gute Pokémon gehen. Ich weiß natürlich, was wir stattdessen ins Team nehmen. Und ich weiß, ich weiß. Wir haben hier ein paar Team Palkia-Vertreter, die direkt sagen würden, also wenn das was ab Pokémon geht, dann wüsste ich ja schon eins, das seine Stelle einnehmen könnte. Ist auch eine Art Krokodil im entferntesten Sinne. Also überhaupt nicht. Aber es ist ein Drachen-Pokémon. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wir werden sehen, was wir stattdessen ins Team nehmen werden. Aber jetzt kurz vor Blizzard ist das übrigens auch eine relativ schlechte Ausbeute. Oh. Schauen wir, wie wir das am besten überhaupt alles machen werden. Und steht nämlich jetzt auch eine Arena bevor. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, irgendein anderes Fokus so schnell dafür hochzutrainieren. Ja, ich weiß, dass ich an sich noch Warblo trainieren könnte, aber... Oh, wir müssen so viele Pokémon gerade noch trainieren. Ist ein bisschen schwierig. Matsch, Bombe! Da ist man gerade eine Menge KP verloren, dazugewonnen und wieder KP verloren, eine Version von Golking. Furien-Schlag macht nicht allzu viel Schaden. Ist das einfach in Finale eingesetzt? Gott! Ich dachte mir, ich war schon... Ich habe mich schon zu früh gefreut, was die Regis angeht. Ich dachte mir, und die Golkinger, äh, die Gol... Nicht Golking. Die, die, äh... Nicht... Lektroball. Die Lektroball haben wir auch überlebt, die sich alle in die Luft gespricht haben. Wir haben alle Finale-Pokémon überlebt in dieser Nasenlager. Und dann kommt das dumme Geowatz. Und sagt sich, ja, ich kenne die Klingst auch, Finale. Ja, aber immerhin bin ich nicht auf Sitzbank gewechselt. Wenn ich mir ehrlich sein, Krokodoks, äh, Verlust ist tragisch. Krokodok war ein guter Freund von uns. Ein guter Freund von mir ist der Krokodok. Und, ähm... Er hat gute Arbeit geleistet. Aber Krokodok ist... Hat als Kämpfer gelebt. Und Krokodok ist als Kämpfer gestorben. Sitzbank dagegen. Sitzbank ist kein Kämpfer. Sitzbank war unser Starter-Pokémon. Mit Sitzbank hat alles angefangen. Und ich weiß nicht, wie... Ob diese Challenge weitergehen könnte, wenn Sitzbank was zustößt. Ehrlich gesagt. Was gibt es denn? E-Eis-Pokémon? Was? E-Eis-Pokémon? Jemand hat... Ich bin Eis-Pokémon. Ich hab Eis-Pokémon. Ein Mogelbaum. Das ist kein guter Gegner für meine strammen Mats. Das können wir alles ins Team nehmen. Ich würde an sich echt gerne über Glaziola nachdenken. Aber... Glaziola hat den Nachteil, dass es ein Eis-Pokémon ist. Und... Ich will nicht unbedingt, dass ich allzu viele Typen einfach... Bzw. es hätte keinen Vorteil für uns. Wir haben schon Eis-Pokémon, das mit einen der besten Eis-Angriffe hat. Das heißt, das will nicht allzu viel bringen. Was haben wir sonst noch alles? Palkia ist zu stark. Das ist... Das ist eine Waffe, auf die ich noch nicht zugreifen möchte. Ich will sie mir nicht für die Zukunft ausschließen. Aber aktuell ist noch nicht die Zeit dafür gekommen. Ehrlich gesagt, hab ich keine Ahnung, was wir sonst noch alles haben. Aber ich glaube, wir hatten einige coole Pokémon. Das wäre ein bisschen competitive, seinen Weg ins Team zu finden. Und das Sagit. Wir können auf jeden Fall nicht Kalle reinnehmen. Dann hätten wir drei Stahl-Pokémon und das ist nicht gut. Weil, Lord. Was machen wir gegen Weil, Lord am besten? Voll eine Sache. Weil, Lord, mach jetzt keinen dummen, viel zu starken Angriff, okay? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, es hat keinen richtigen Angriff. Ich dachte, es macht irgendwas dummes wie Wasserring. Wir haben noch zwei Pokémon, die wirklich kämpfen können, übrig. Oh, das ist nicht gut. Auflage zusätzlich dieser Angriff ist... Warum macht Weil, Lord, so viel Schaden? Warum ist Weil, Lord, so stark? Schauen wir, Max, auf die Hälfte von Leben runtergeschwächt wird, da haben wir ein Problem. Äh, Psychokinesisch, schätze ich. Oh, das gefällt mir gerade, das gefällt mir gerade alles überhaupt nicht. Es gefällt mir absolut nicht. Okay. Es ist an der Zeit für den strammen Max ausgewechselt zu werden. Mein Gott. Okay, Sitzbank. Wir müssen irgendwie in die Stadt kommen. Alles andere ist erstmal egal. Wir müssen einfach nur nach Blizzard. Und dann werden wir uns überstanden. Und dann können wir trauern und überlegen, was wir weiter machen können. Aber noch sind wir nicht da. Noch sind wir nicht da. Wie gefällt dir? Wie schmeckt dir in der eigenen Medizin? Dachte ich mir. Dachte ich mir. Es war auch ausrechnet Larka, was es einsetzt. Larka ist halt so ein starker Angriff. Dann nützt auch die hohe Verteidigung von Trashy nicht als viel, wenn sowas kommt. Aber wie ein dummes Deox ist. Wenn dein Deox ist direkt mal für dich, kommt direkt ein Surfer ab. Wie wär's damit? Nachtdäbel macht er ein bisschen mehr Scheiß, was ich mir wünschen würde. Aber im Endeffekt nicht so viel. Ich denke, der Hagel sollte Deox ist besiegen. Richtig. Yeah. Yeah. Okay. Und der Hagelsturm versteckt übrigens Eisangriff, finde ich. Außer ich lege komplett daneben, aber... Soweit ich weiß, sollten, ähm, Eisangriffe unabhängig von, äh, Hagelsturm sein. Und ich weiß, dass irgendjemand die Frage stellen wird, warum setzt du dich auf der Eichstrahl ein? Weil nicht Stärke wird dadurch. Es macht nicht wirklich einen Unterschied, ob ich Eichstrahl oder, ähm... Surfer einsetze, sind beide gleich stark. Letzte Kuh und mich. Ich denke, ich werde Sitzbank wieder in die erste Stelle... Boah, Gott, dieses Team, ich will es nicht sehen. Wir werden Sitzbank wieder in die erste Stelle packen. Obwohl wir hier irgendwie durchkommen werden. Stärke, Ufer. Hallo. Ey, Opimendich, bist du auch schon da? Langsam, viel zu langsam, hörst du, Opimendich. Siehst du, dass die Felsen ja anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du den Ort der Blizzard Arena besitzt. Wie ihm auch sei, ich bin weg, Team Galactic. Ich bin euch auf den Fersen. Eih out den Mund. Okay. Einfach den Mund. Jochen. Ähm. Ich werde nicht in dem Ausmachen Blizzard, wie ich mir das gewünscht hätte. werden wir eventuell in einem moment ich habe schutz eingesetzt alles gut ich muss den pokémon fangen wir haben alle zeit der welt wenn wir sorgen ob hier nicht irgendwo noch ein trainer ist denn wir haben keine lust und trainer gerade über den weg zu laufen persönlich habe ich einen trennen über den weg laufen könnte ich das überleben könnte oh mein gott wir sind da wir sind da das ist schon erst das schon mal erstmal gut in diesem eingeschneidten ort her steht mal eine bittere eiseskälte aber der kampfgeist der trainer und ihrer pokémon ist wie ein glühender hitzestein der uns alle wärmt besonders der der arena leiterin das werden wir sehen ich möchte ja bitte noch nicht rein ich glaube es bestimmt auch super ich will ins pokémon wo ist euer pokémon center ich will hier noch einfach wegfliegen aber ernsthaft wo ist es schutzwerk nicht mehr da ist es ok 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 ich war so stolz darauf dass krokodok sich so gut schlägt es war es war im pergato ich dachte mit dem pergato es nicht so gut aber es hat sich so gut geschlagen und dann dieser heimtückische angriff diese hintere dieses hinterhältige finale die unvorhersehbare explosion dass das krokodok hat es nicht verdient krokodok hätte besseres verdient also ist der krieg manchmal trashy oh god trashy von anfang an warst du dabei schönheitswettbewerb hast du gewonnen du wurdest von einem pokémon das im müll wühlt zu einem pokémon das nach müll riecht zu einem stück schleim als du zu viel müll gefressen hast und ich dachte das ist eine entwicklung die ihresgleichen sucht das ist schicksal an der stelle das ist das pokémon welches uns noch durch die top 4 bringen wird trashy hat eine menge verteidigung trashy hält niemand auf und dann war es ausgerechnet lage was das war dort eingesetzt hat kein zauberring oder ein walzer oder so lage oder aquawelle nein es hat lage war wahrscheinlich zum teil mein fehler das macht den verlust aber dennoch nicht weniger tragisch ich dachte wirklich dass wir beide gemeinsam lang unterwegs sein werden das heißt und den pokémon mit den speziellen ball kapseln bleibt noch eins übrig gute alte sitzbank die gute alte sitzbank ok trashy es war es war meine ehre deiner seite zu kämpfen ich hoffe du wirst nicht der letzte deiner art gewesen sein damit meine ich trashy okay wir könnten bohr aber zurückholen ihr werdet euch jetzt vielleicht die frage stellen wie wie sollen wir bohrer zurückholen die antwort ist einfach wir könnten bohrer mit bohrer zum attacken erlernen gehen ich weiß noch nicht gerade ich weiß ganz spontan und nicht wo er ist oder wir entwickeln ein paar pokémon weiter wir können auch noch welche fangen ich würde fast sagen wir schauen was wir sonst noch an bilden pokémon bekommen und schauen dass wir hier noch ein bisschen was er weiterentwickeln ehrlich gesagt aber erst mal zu aller erst wirst du das frieda pokémon vom typ eis einsetzt frieda ist ein ganz toller mensch so emsig und lernbegierig sie wollte mit mir das kämpfen gegen kampf pokémon üben eispokémon sind nämlich empfindlich gegen pokémon vom typ kampf so werden unsere pokémon und wir schauen was wir noch im see was das see der stärke bei dem einen see hier drüben finden können denn dort können wir noch was fangen und vielleicht wird es gut fällt gerade auf dass glaube ich keinen sinn ergibt dass ich hitren eventuell verwenden will aber park ja nicht weil parker zu stark ist aber das muss man fairerweise sagen ich glaube parker ist auch wirklich gutes stück stärker als die trend aber ja da ist das nicht gut schlicht und ergreifend nicht gut gelaufen stärke ufer war das okay was wir kommen wir es ist zuwart level 30 das ist schwer in ordnung warum ist es schwer in ordnung super das leicht zu fangen und zuwart wird sich direkt weiterentwickeln können das heißt ich würde fast sagen jetzt zuwart das nicht und dann geben wir den ep teiler und dann schauen wir einfach mal zu was wir zuwart entwickeln können was haltet ihr davon sollte es wirklich schnell gehen wollen sie uns auch wirklich schnell fangen können und ich weiß auch schon was ein namen wird dem ich die zuwart geben werde eine gute alte tradition ich bin immer noch sehr gestresst von der ganzen situation es überwacht seine umgebung durch die reflektionen der ultraschall weil dies aussendet okay es tritt natürlich in die guten alten klassischen fußstapfen des nosferatu welcher glaube ich in jeder naso challenge die wir jemals hatten irgendwann aufgetaucht ist es gab immer einen nosferatu es gab auch mal den dosferatu das war der zweite an dem fall ist es nur ein nosferatu ich werde einfach gegen die wilden pokémon hier direkt ein bisschen kämpfen sollte jetzt sowieso nicht allzu schwer werden zu besiegen und ja dann mache ich das mal eben stramm als wort auch noch ein paar level ups dann halte ich euch auf dem laufen dann wenn sich was weiterentwickelt level 33 oh giftzahn ja ja den nehmen wir mit wurde er auch höchste zeit mein gott wieso gegen wieviel pokémon ich jetzt dafür kämpfen muss das hat zehn minuten gedauert ich dachte es würde schneller gehen ok nosferatu entwickelt sich schwer in ordnung schwer in ordnung wir wollten sowieso die mit tag haben und so bekamen wir im endeffekt auch unser im tag und die beste sache ist wir können im tag direkt fliegen beibringen das heißt wir werden nicht flausche erstmal aus dem team dann auch entfernen wir können im tag dann direkt irgendwie eitel mutig das bedeutet bestimmt irgendwas ja die stats sind halt stats nicht mies aber ich denke wir können damit was anfangen wir können auf jeden fall fliegen beibringen und dann mit fliegen konfu strahl und flügelschlag sollte schon irgendwie zurechtkommen ich glaube ich sollte es nicht ins team nehmen je mehr ich darüber nachdenke ich habe das gefühl nosferatu ist die stats waren halt so niedrig jetzt gerade es war nicht mal eins der auf die 100 zugeht und der angriff ist halt auch echt niedrig ich glaube es wird vielleicht ich glaube wir sind schon über den zeitpunkt hinaus wo ibitag hilfreich sein kann aber ich habe keine ahnung ich würde sagen wie es ganz weiter geht sehen wir im nächsten mal in pokémon platin ich weiß sonst gerade nicht ganz wie ich ja was ich am besten machen soll welche rede und schon anfangen wahrscheinlich nicht ich weiß es nicht ich bin sehr verunsichert vielen dank fürs zuschauen bis nächstes mal und gute nacht und jetzt speichere ich noch fast 20 stunden mein gott hallo und willkommen zurück zu pokémon platin randomize nassau challenge was machen wir am besten ich habe noch keine ahnung ich habe ich habe absolut keine ahnung ich denke wir werden auf jeden fall nosferatu weglegen denn ich habe nicht das gefühl dass nosferatu uns weiter bringen wird könnten ich sollte ich vorwärts zurückkunden vor haben wir uns fair und ehrlich verdient durch entwicklung ok und wora kann ich vielleicht einen angriff beibringen ansonsten ich weiß es nicht dass wir ansonsten kommt bald wir an das geht's bald wir an bald ihren kann sich weiterentwickeln das ist das geheimnis des ganzen ich würde sagen wir verteilen den ep teiler für baldrian und schauen dass wir es entwickelt bekommen und zusätzlich werden wir noch dass man takker lerner gehen wo befand er sich das ist eine ausgezeichnete frage die ich gar nicht beantworten kann aber ich werde mein bestes geben um eine antwort auf diese frage zu finden okay das ist so dunkel er ist generell relativ spät bald wird es nacht in dem spiel und zwar war es in ewige herzlingen nein herzhofen nein trostow schlei eda also waren weideburg ein weideburg das müsste weideburg gewesen sein wenn ich euch wahrscheinlich einfach googeln wie jeder andere auch weideburg habt ihr irgendwo den attacken erlerner zufälligerweise kann ich nicht genauere details auf der karte nachschauen ich weiß dass das in manchen spielen geht wenn auf der karte einfach drückt und moment 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 auf dem touchscreen auf das plus ursprünglich ja ist mir egal wofür die stadt gegründet wurde okay da stehen keine die spielhalle ich glaube das wird da nicht dran stehen sein könnte also was dann dran steht wie hier lebt übrigens der attacken erlerner bei dem kann man eine menge attacken erlernen ist das war der bierhaus hier waren wir auf jeden fall drin versuchen wir es da oben wenn ich werde ich mal schnell google anwerfen und wir werden blick darauf werfen und schauen was sich befindet waren wir hier im großmoor setzen sich von der sitze setzen seine eilbahn ein aber wir können auch ins großmoor ich weiß was wir jetzt machen werden wir gehen jetzt rein und wir versuchen pokémon zu fangen was haltet ihr davon ja ja das ist ein plan ich würde gerne ins großmoor 500 ja wie werden wir das ganze handhaben dass safari eine safari zone ist ich würde sagen es geht nicht darum welche pokémon wir als erstes begegnen ich meine ich muss jedes pokémon die ich begegne fangen okay versuchen zu fangen aber ich würde sagen ich darf das erste behalten dass mir gelingt zu fangen weil komm schon das ist ja bis in safari bälle ist nicht so als ob es fair wäre von meiner seite aus oh oh gott oh gott das war die sache auch ich hasse wenn das passiert okay ein mouchas okay folgende sache köder bringt dass das pokémon nicht flieht aber dafür ist die fangrate niedriger und matsch bringt dass das pokémon wahrscheinlich ja flieht aber dafür ist die fangrate höher das heißt wir werfen einfach normalen ball und drauf auf das beste das ist ein verflixt das ist ein verflixt und zugenäht von meiner seite aus flieg safari ball ich muss übrigens ehrlich gestehen ich bin abseits von generation 1 war ich nie ein fan von den safari zonen ich hatte immer das gefühl sich danach das konzept war tot für mich in generation 1 und kein gama und janera man denkt sich ja das ist cool das sind die seltenen pokémon das ist unfassbar frustrierend sie zu fangen aber in den neuen indenzen ich weiß nicht habe es nie ganz gefühlt es füllen rückwärts indem es seine schale öffnet und schließt das zeigt immer seine breite zunge es zeigt immer seine breite zunge haben wir einen doppelpunkt wir haben doppelpunkt wir machen aber ein semikolon und dann machen wir ein p das habe ich nicht immer im team richtig wir haben baldrian dabei genau 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 ich würde sagen wir schon trotzdem noch ein bisschen hier um auch wenn es nichts als nicht allzu viel zu sehen gibt area 3 und jetzt war los soll ich ja auch mal seltsam vom konzept dass man diesen zug hier hat wer sich wirklich durch den matsch laufen das ist gar nicht hier schönes machen irgendwas interessantes machen dass ein pokéball eine palmbäre wie gut eine palmbäre dann fahr ich nach oben schätze ich ja sechs denke ich erwartet es ist hier es ist seltsam aufgeteilt okay bestanden ich glaube ich schaue dass wir vielleicht noch ein pokéball mitnehmen können ich weiß nicht ob ich durch den sumpf durch kann ich kann vielleicht durch surfen aber wer weiß es schon areal 2 wie wäre es damit die 2 ist ja das wollte ich sehen sie ist ja oben die musik aus der safari zone ist aber ein hit muss ich fairerweise gestehen ich glaube man findet hier nach einiger zeit ganz andere pokémon als an den tagen vorher aber das ändert sich ja ein bisschen ich ich weiß dass oben typ an dem fernglas gab und er hat gesagt heute habe ich ein toxi quack gesehen ich soll nicht auch mal rüberschauen dann kann man darüber schauen aber das möchte ich jetzt rüber oh mein gott ja man kann hier durchlaufen okay so halbwegs das ist ein bisschen seltsam muss ich ehrlich gestehen ich bin nicht der größte fan davon das tiefe matsch zeug oh mein gott laufe sollte das okay sein natürlich gibt es jetzt auch wenn die leute die sagen hey du kannst so viele pokémon erfangen wie safari bälle hast aber er gibt mir zu viele möglichkeiten pokémon zu fangen noch mal eine weiße flöte in diesem spiel das ist das können wir so nicht einfach machen ich einfach sagen okay hier kann ich jetzt 800 pokémon fangen wenn wir das wenn ich das bedürfnis danach habe das funktioniert so nicht ich habe sogar lohrblatt lohrblatt ist eines der wenigen starter pokémon wo ich sagen würde dass die zweite oder generell pokémon wo ich sagen würde wir haben glücksei wieder zweite form ist am besten ich mein wenn wir das glücksei haben müssen wir es jetzt auch verwenden ganz offensichtlich lass mich in ruhe ich möchte nicht mit dir reden oh dieses dumme tono gott dieses dumme okay ernsthaft lass mich in ruhe egal dieses ganze reden und der generell etwas tun ist ein bisschen anstrengend für mich ihr müsst wissen ich als jemand der seinen verpflichtungen als funktionierendes mitglied der gesellschaft immer zu 100 prozent in dem aus was nachkommt wie er das sollte habe erst vor dem monat mich ja darum um einen impftermin gekümmert und wie es aussieht aus irgendwelchen gründen bei meinem hausarzt musste ich monat warten ich weiß ihr werdet jetzt sagen was aber dass das hier gibt keinen sinn es sind nicht überall keine ahnung gab es nicht aktionen und sowas dass leute hingehen ja ich weiß aber keine ahnung auf jeden fall zeit ist abgelaufen ding dong hatte ich die heute das heißt falls ihr euch noch sorgen macht ob ihr vielleicht zu spät dran sind und sich nicht mehr lohnt nein ja doch könnt ihr auf jeden fall machen weil manche brauchen nur ein bisschen länger um sich zu entscheiden wann sie das haus verlassen ist nicht so so wie ich impfungen kritisch gegenüberstehe für das protokoll ja wir werfen wir es ein und ein item und ein arborger das ist ziemlich cool gemacht auf jeden fall war die heute und ein starlos und dohido hier sind so viele coole wir müssen ja abhauen das sind zu viele coole pokémon es sind nur coole pokémon und der ich fühle mich doch ein bisschen erschwächlich gerade und ja das wollte ich nur mal eben den raum werfen das werde ich nämlich als ich werde nämlich sagen wenn es zu konzentrationsmangel und deswegen auch zu leistungseinbußen von meiner seite aus kommt werde ich die schuld darauf schieben ganz recht so attacken erlerner heißt er attacken erinnerer heißt er attacken erinnerer platin oh gott attacken erinnerer platin der attacken erinnerer befindet sich in weideburg neben dem see sind wir nicht gerade in weideburg neben dem see hier ist ein see wo ist hier ein see das hier drüben soll ein see sein das ist ein tümpel aber ok ich würde es kein see nennen hier ziemlich oft nach troste um einen großen bruder zu besuchen bei lokalen zeitung dort bekomme ich für kleinere aufträge herz schuppen alle nennen mich attacken manier gar ich bevorzuge den namen attackenhelfer ich habe alle attacken die ein pokémon lernen kann sollte ein pokémon einen vergessen haben bist du bei mir richtig ich kann auch deinen pokémon attacken beibringen die du magst das gegenleistung hätte ich gerne eine herz schuppe sammle ich nämlich oh das ist es das ist ehrlich und wahrhaftig eine herz schuppe lass mich raten ja du sollst aber meiner pokémon attacke beibringen so ich habe einfach mal die hoffnung dass mora irgendwas gutes hat wir werden sehen wie es laufen wird welche attacke sollst du es lernen ein feuer zahl ist jetzt nicht der oberhammer aber ich denke wir müssen das machen einfach damit wir borans team zurückholen können denn die anderen angriffe sind aktuell nicht optimal bitte charmant aus gehalten items geht das und steht es dann ich denke wir können beziehen kann ich den passen wenn ich den passen jemals benötigen werde ok wir haben leider nur eine herz schuppe und ich glaube wir können nicht wirklich an mehr kommen trostu kann man aufträg erledigen ich weiß nicht aber wir können hier mal eben rübersurfen wenn wir schon mal dabei sind muss auch noch irgendwas ist schiffe tafelwasser glaubt ihr in den schiffen kann man irgendwo ein milieu finden oder sowas das würde ich ziemlich cool finden ich bin übrigens nervös wie die gestrige folge laufen wird ankommen wird denn so in der zeit wo ich das aufnehme kam die noch nicht die kommt erst morgen und ich habe übrigens geangelt in dem gebiet für das protokoll und ich habe das gefühl leute werden nicht begeistert sein ich habe das gefühl leute werden nicht begeistert sein wir werden sehen ich lache aber ich bin ein bisschen besorgen ich würde fast sagen ich werde einfach mal schauen dass ich ein glücksei eine gute alten borra gebe und dann werden wir eine kleine trainingssession in den tag legen und mit wir meine ich selbstverständlich nicht wir im sinne von du und ich sondern im sinne von mir meiner majestät ich meine ich habe gesagt dass eine glücksei dürfen nicht haben das war verflucht da jetzt wo wir noch eins gefunden haben finde ich das eigentlich ein legitimes zu verwenden außerdem leichter das mein leben ganz ungemein erinnert euch noch als ich die diamanten als lock gemacht habe was ich hier an der stelle gemacht habe einen punkt habe ich dann gesagt wir haben ein pokémon trainieren müssen und das ich hatte keine lust ich habe sonderbonbons verwendet und das war ein fehler das ist eine sache die ich über die jahre gelernt habe das ist ich darf es nicht zu ehrlich sein bei diesen pokémon nasok challenges habe ich die geschichte erzählt dass ich mal in omega rubin gestorben bin das war nach dem ganzen elektroball vorfall ich glaube die geschichte habe ich mal erzählt vielleicht erinnert euch daran und dann bin ich irgendwie habe alle meine pokémon hoch trainiert es hat ewig gedauert und dann bin ich irgendwie bei einem der ersten paar trainer gestorben ich habe gesagt nein nein das werde ich nicht akzeptieren und dann habe ich so getan als wäre es nie passiert habe die aufnahme beendet nochmal neu angefangen und bin dann glaube ich drei trainer weiter gestorben oder so das heißt an dem punkt hat es nicht viel geändert aber der betrug war definitiv da und der diamant habe ich ja genau ich habe gesagt ich habe meine pokémon mit sonderbonbons hoch trainiert weil ich keine lust hatte sie so zu äh so zu trainieren Leute waren nicht begeistert weil wer sich immer noch nicht ganz verstehe weil es ist so wichtig dass ich mir die zeit nehme aber ich muss fairerweise anmerken seitdem habe ich das nicht mehr gemacht seitdem habe ich fair und ehrlich trainiert und es hat viel viel meiner lebenszeit gekostet aber ich habe es getan würdige information mit euch teilen wenn bei einem offscreen training ein pokémon gestorben wäre lasst mich an der stelle transparent sein wer weiß das schon aber ich habe immer fair und ehrlich trainiert gegen wilde pokémon okay und es hat lange gedauert und genau das gleiche werde ich jetzt auch machen das wird so lange dauern okay ich habe mit trainingstechnisch die sache überlegt ich sollte es anders machen das gegen die beiden pokémon dauert einfach jahre und damit meine ich es dauert wirklich lange ja und zwar wir versuchen gegen trainer zu kämpfen nochmal mit dem trainer wo war das wo kann ich rematches gegen trainer machen komm schon warte habe ich das nicht habe ich die erweiterung nicht ich habe doch die trainer rematch erweiterung oder nicht war das eine erweiterung die man dafür braucht da muss man sie einfach nochmal anquatschen das war eine erweiterung oder nicht nein wir kommen ja nicht weiter hä aber da war doch irgendwas okay es scheint keine erweiterung fürs poketsch dafür zu geben aber dann war es ein basis item oder kampfkamera nein äh kampffahnder wie wäre es mit dem kampffahnder aha ich glaube da muss man immer keine ahnung 250 schritte oder so zurücklegen bevor man den nochmal einsetzen kann irgendwie sowas in der richtung aber wir können direkt nochmal kämpfen torgetik level 30 torgetik level 30 soll es soweit ein einfacher gegner für mich sein aber ja dann werde ich mal mein glück mit dem ähm kampffahnder versuchen oh bohrer will knirscher lernen ich mein nicht optimal aber doch das ist eigentlich ziemlich gut bei genauer überlegung ich mein damit können wir auf jeden fall gegen äh psychopokman schon mal ein bisschen was auf der hand haben oh oh das war der trainer mit drei quasar das könnte aber gut sein unter umständen vielleicht kann ich damit mit felswucht direkt eine menge schaden machen dann könnte das vielleicht ein guter trainer sein um einfach ein paar fahrungspunkte abzustauben weil ich glaube level 25 drei quasi war noch ziemlich schwach ja ist keine antikraft aber wie viel schaden wird die austeilen nicht allzu viel ist die antwort na komm schauen aber ja ich denke der trainer könnte ganz okay sein zum trainieren erstmal weiter waren wir jemals auf route 212 fällt mir gerade so auf im großen bis schon gewesen weil waren wir jemals ich glaube nämlich nicht deswegen war ich so niedrig gelevelt mir fehlt hier noch eine menge okay sehr schön das problem ist jetzt nur dass das pokémon sich ganz 28 das problem ist ganz vorne ob es vom typ feuer ich werden feuerangriffe von regentanz geschwächt ich glaube schon ja ja werden sie genau das ist eine sache das ist ein bisschen kritisch aber mal schauen wie es laufen wird mal schauen wie es laufen wird da die pokémon hier relativ niedrig gelevelt sind sollte ich auf sollte ich auf jeden fall ein paar levels mitnehmen können ja auf sandwirbel zu machen dummes kaputo und ja dann werde ich mich mal ein bisschen hier durchkämpfen und wir können auf jeden fall noch wildes pokémon mit dem bisschen was das wird das werden wir gleich machen oh mein gott also gut schauen wir was uns hier für ein wildes pokémon erwartet ich gehe einfach davon aus dass wir hier äh noch nicht waren ich möchte sagen dass wir hier noch nicht waren lasse ich aber trotzdem mal eben kurz auf die nicht ange auf die karte schauen die karte nicht die ange unterherzhofen ha lass mich mal eben nach herzhofen rüber schauen ich bin nämlich gerade wirklich unsicher ob wir da ähm südlich davon was gefangen haben wie sieht die route unter herzhofen aus waren wir da nicht schon ich glaube von herzhofen aus bin ich nach rechts gegangen war ich die da unten warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal geht's hier überhaupt einfach so nach unten hier geht's so nach unten war ich da hier war der weg von irgendwelchen moderatoren blockiert oder sowas hier waren wir definitiv noch nicht ok es gibt gute bäume die du mit tonik beschmieren kannst sonst gibt welche bei denen das nicht geht wenn du seltener pokémon anlocken möchtest musst du den richtigen baum finden du meinst den gelb leuchtenden baum ich glaube das bekomme ich hin aber gut dann würde ich sagen wir können doch in diese eine villa ja hier war ich ja absolut nicht das habe ich wohl übersehen honig ist das nicht schön ich würde gerne auftragen aber ist gerade 19 Uhr und ich bin gar nicht mal mehr so fit das heißt ähm ich glaube ich würde den honig nur verschwenden und ziemlich viele dinge die mir mehr missfallen das ist wohl nicht verschwendung streife gehen tag und nacht ich bin so müde gern ja der erzählt mir nichts neues jo arbeitest du hart an dir trainer jo ich arbeite so hart an mir ich glaube die trainer hier sollte dann sicher auf einem ziemlich niedrigen level sein lege ich da richtig potrot auf level 27 ja das jetzt bekomme ich hin oh das ist das falsche pokémon das ist okay schnapplein bräuchte auch ein bisschen training ich glaube schnapplein ist gerade ein echt schlechter gegner für potrot weil potrot eine hohe verteidigung hat versuchen wir lieber borat zu trainieren welcher übrigens für das protokoll nicht stark ist der feuerzahn von borat ist leider kein so starker angriff wie man sich das wünschen würde auch hier haben wir eine menge hohes gras ich würde sagen erst an der zeit unser pokémon für diese route zu fangen dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter um wenn wir schon mal hier sind aber nicht dass hier halt so viel dinge zu sehen gibt die tja so sehen wir uns also wieder lange nicht mehr gesehen mein freund aber ich hau ab weil oh magnetfalle okay äh dann ähm donnerwelle und dann zertrümmerer schätze ich denn zertrümmerer ist äh effektiv auf gestein und stahl im vergleich zu steinhage weil ich ja du musst rückentzug wirklich einsetzen ich kann auch so schön nicht abhauen das hältst du davon aber das macht sehr guten schaden sogar und die verteidigung sinkt okay ich würde sagen äh da ist halt das blatt zu unseren gunsten gewendet und damit hat äh schnellblein ein voluminas besiegt sehr beeindruckend wenn ihr mich fragt was haben wir sonst noch für wilde pokémon da unten geht es noch weiter aber da unten kann ich dann wahrscheinlich in die regnerische äh in das regnerische gebiet schon wieder eins sieh was das trifft sich ganz gut das ist gutes trading für schnellblein muss man fairerweise sagen wir wollen können das magnet bombe aber ich nicht ist ein bisschen unfair muss ich einfach mal so gestehen ich meine ich hätte es wahrscheinlich lernen können wenn ich noch eine zweite herzsuppe hätte aber äh von denen bekommt man nicht so viel im randomizer oder im regulären spiel ein bandsticker nicht der erste aber okay so was hätten wir denn im äh tiefenblauen wasser hier sind ein paar seltsame aussehende bären versuchen wir doch ein pokémon zu angeln oder besser erfahren zu finden es ist ein krawumms es ist an sich cool aber ich glaube nicht dass ich in meinem team platz für den normaltypen habe es tut mir leid aber wir werden dich trotzdem mitnehmen für den fall der fälle für den fall der fälle habe ich gesagt ja um superschall zu machen ich will nicht superschall werden ach gott okay donnawelle so ich würde sagen es ist dunkel genug um den finsterball einzusetzen richtig ich meine es ist 19.20 für übliche pokémon spieler ist das finstere nacht ich meine es zählt als nacht ab jetzt hier in dem spiel oder ich glaube es sollte nacht sein naja das ist das ist kein effekt den ich nicht mehr gewünscht habe ich meine ich könnte krawumms auch einfach noch ein bisschen anschwächen wer ist mein zertrimmerer mein freund naja schnellblein ist verwirrt schnellblein reiß dich zusammen ja will ich auch hoffen dass du wenigstens im gegenzug auch nicht angreifen kannst schnellblein komm schauen und ja das ist kein so hoher schaden wisst das ist ebenfalls kein hoher schaden wie soll dann machen wir noch ein zertrimmerer kann schon schnellblein yes und dann würde ich sagen ich versuche dann hyperball zu werfen schätze ich warum sollte nicht so schwer zu fangen sein dann würde ich einfach mal wir werden sehen bleib im ball krawumms naja dann wiederum ich habe keinen spitznamen für dich das heißt du kannst mir noch ein bisschen Zeit geben hmmm hmmm ich wollte gerade sagen du kannst mir noch ein bisschen Zeit geben weil ich keinen spitznamen habe aber okay okay wir müssen uns direkt was ausdenken sein heulen hört man in zehn kilometer entfernung es gibt alle arten von geräuschen von sich krach krawumms ähm äh kaboom ich hab keine ahnung fällt echt nichts ein aber wir werden es auch sehr wahrscheinlich nicht verwenden also gibt es sowieso keine Rolle ob es kaboom heißt oder nicht würde ich einfach mal sagen okay bora eine erste stelle mit dir und dann schauen wir doch ob wir hier noch ein paar erfahrungspunkte für dich auftreiben können 2 gegen 2 ja das ist ein kampf den wir nachgehen werden los geht's zeigt was ihr drauf habt ihr trainer mit pokémon die fast 12 level unter mir sind das wird ein sehr spannender kampf ich sollte wahrscheinlich noch nach oben schauen zu der einen villa aber aber lasst mich jetzt die cross promotion äh besiegen ich meine natürlich die pokémon ranger jetzt auf euren nintendo ds äh das gefällt mir nicht schinox hat aber keinen bedroher oder will ich auch hoffen dass es keinen hat schinox und du mach äh steinhage der eh beide trifft schaden macht ja das ist nicht so das ist nicht so viel naja und du kannst jetzt sein ist neutral gegen schnäblein allerdings ist sein angriff nicht wirklich hoch genug mit der verteilung von schnäblein mithalten zu können immerhin au au das war ein volltreffer und level 37 für borra was seid ihr davon schnäblein sollte auch demnächst level up noch bekommen schnäblein war ungefähr 700 punkte von dem level up entfernt ja ich glaube ich wäre bereit wenn ich ausreichend für level up aber wer weiß ich wäre bereit mich positiv überraschen zu lassen vom gegenteil unter umständen ja das ist nicht so stark und die verteidigung sinkt au das kann blubstrat das ist äh das ist gefährlich ein bisschen das ist fast ein hört auf ein esslein anzugreifen schnäblein der ist nicht cool von euch deswegen werden jetzt auch beide besiegt jetzt bin ich an das verdient yeah ok 361 das ist schwer in Ordnung und level up für schnäblein level 35 angriff ist immer noch sehr niedrig wir bräuchten einen speziellen angriff für schnäblein das wäre enorm hilfreich aber ok ich denke ich werde erstmal versuchen ähm borra hoch zu leveln äh so gegen 40 und dann wäre ich erstmal zufrieden eine Morb wäre nicht allzu gut äh das sind so viele Trainer hier ich denke die werde ich mal eben alle abgrasen und dann schauen wir noch in die Villa rüber Spiritkern was ist Spiritkern das war von dem anderen Zobiris äh Pokémon oder? yeah yeah ein wichtiges Item mit dem ein Steinturm repariert werden kann können wir damit den Kripuk fangen? ich glaube schon ha mal schauen wir sind ständig auf Streif es ist sicher hier selbst nachts das ist mir aufgefallen es ist gerade Nacht wie es der Zufall so will aber wir haben ja noch eine Menge Trainer vor uns gut da sind noch ein paar Gratis-Erfahrungspunkte für mich oh nein oh nein oh nein oh nein 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 das könnte jetzt der übelste Kampf von allen werden Voluminas hat Rückentzug eingesetzt und zusätzlich gerade Eisenabwehr und ich habe schon davor nicht viel Schaden gemacht äh äh was mache ich jetzt am besten? Magnetbomb ich hoffe Magnetbomb mitzumachen ich meine es macht wenigstens an mir noch weniger Schaden aber das ist nicht gut ich denke ich werde X-Angriff einsetzen um meinen Angriff noch zu erhöhen und dann hoffen wir auf das Beste nein nicht Eisheiler Kampf-Items X-Angriff Angriff von Bora steigt das Problem ist, dass Voluminas irgendwann jetzt nochmal Eisenabwehr einsetzen wird und das wird nervig ähm ich kann mir vorstellen, dass darauf hinausläuft, dass seine Verteilung ausmaxen wird oh ich will wirklich nicht wie soll ich das jetzt überhaupt machen? habe ich noch ein paar Reile in einem Lava-Keks hier ist ein Lava-Keks Bohrer und dann greife an wir müssen angreifen oh mein Gott, diese Voluminas ist ein Problem setz bitte weiter eine Magnetbombe ein mach nichts anderes die Magnetbombe ist das Beste was du machen kannst, Voluminas lass dir da absolut nichts anderes einreden, ok? ok Feuerzahn komm schon komm schon nein ich denke ich sollte einfach Feuerzahn einsetzen und hoffen dass es irgendwann verbrennt und dann wird es extra oh mein Gott oh Gott kann Pokémon bei Regen verbrennen? ich hoffe doch sonst habe ich nicht ein Problem oh mein Gott das wird noch lange dauern ich meine ich habe jetzt über die Hälfte von Voluminas schon abgezogen das ist soweit ganz gut ich habe das Gefühl die zweite Eisenabwehr hat nicht so viel die Verteidigung gesteigert wie ich das zunächst dachte das heißt das ist ganz gut aber wir bekommen keine Verbrennung hin und meine AP für Feuerzahn sind fast aus ich werde übrigens nicht begeistert sein wenn sich herausstellt dass dieser Trainer eine Heilung hat oh ich werde so sehr nicht begeistert sein ihr habt keine Ahnung ihr habt noch niemand gesehen der so sehr nicht begeistert von irgendwas ist wie ich wenn ich herausfinde dass er eine Heilung hat ich glaube er hätte sie dann aber schon eingesetzt setzen die Heilungen immer ein wenn ihre Pokémon im gelben Bereich sind oder unter einem gewissen Prozentsatz weil ich auf jeden Fall jetzt schon erreicht sein sollte ich denke bei einem dritten oder so ich weiß nicht ob sie direkt beim gelben Bereich heilen Feuerzahn komm schon Verbrennung 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 aber okay wir haben noch zwei Feuerzähne und gleichzeitig hat Voluminas nicht mehr viele Leben das ist gut das ist ein großer Fortschritt Feuerzahn komm schon oh die Donnerwelle bisschen nervig aber ich kann den Sieg förmlich schmecken ich habe ihn förmlich auf der Zunge komm schon sei nicht paralysiert oh mein Gott okay Verteilung ist ausgemerkt von Voluminas ich bin aber sehr froh dass es damit noch bis zum Ende gewartet hat das hätte sie nämlich die von Anfang an machen können und dann hätten wir ein Problem bekommen was da muss es auch Rückentzug einsetzen Wollen wir das glaube ich sowieso schon in Fertigkeit dass ich nicht abholen kann oh anstrengend aber wir haben gewonnen wuch verdient es fast Level ab okay damit werde eine Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt ja und deine Passivität auch keine Sorge lass mich mal die rüber surfen wenn wir schon mal hier sind ähm ich will das daunenreigen äh ist okay denke ich aber nicht das wonach ich gerade suche also gut schauen wir doch hier mal hin Pokémon Landgut Pokémon Besichtigungen nach Vereinbarung ich habe keine Vereinbarung aber ich gehe trotzdem rein nur man sitzt uns beiden ich denke ja wir gehen viel zu oft auf Streife das glaube ich nicht oh mein Pokémon steht da im Bett das ich aus Übersee habe einfliegen lassen ich bin recht begütert falls dir so nicht aufgefallen ist begütert das ist ein Wort das ist ein sehr begüterter Typ das sieht man direkt ich meine Corazon übrigens Corazon ist so ein freundliches Pokémon ich hoffe wenn sie ihm eine Weiterentwicklung geben wird die ebenfalls sehr freundlich sein und nicht ein gruseliges Monster welches auf dem Korallensterben das auf der ganzen gesamten Welt stattfindet basiert das fände ich nämlich echt bedrückend ehrlich gesagt aber wir werden sehen wie es mit Pokémon Schwert und Schild aussieht ich habe ja gehört dass Corazon dann eine Weiterentwicklung bekommen soll ah ja wie gesagt ich hoffe sie wird sehr fröhlich sein und nicht definierend Operator Zoe bitte schon zu Ende schon ordnung reiche Leute irgendwas die geben auf jeden Fall eine Menge Geld das ist gut denn ähm eine Sache die wir eventuell auch machen könnten wäre dass wir mal ins Casino schauen was wir uns für das Geld alles holen können ich sage es nämlich ich habe so viel Geld bekommen inzwischen vom ganzen Trend ich habe 145.000 Pokedollar okay und die würde ich gerne einsetzen beziehungsweise wir können uns dafür vielleicht irgendeine TM holen ich werde mal nachschauen ob da irgendwas Gutes ist ich glaube ich kann nicht direkt nachschauen was das für ein Angriff letztendlich wird da müsste ich dann auf gut Glück was kaufen und äh ich weiß nicht ob ich das wirklich machen will hm mal schauen hey 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 Moment zurück zurück ich habe den Pokéballer ganz genau gesehen Eisen ah ok und diese äh Pokémon Statuen kann es sein dass sie nicht mehr wirklich allzu oft gibt in den Spielen dass es hier eher ein kleiner äh Rückblick ist und die sehen mehr aus wie kein Gama als Gizeros äh fällt mir gerade auf ha Gama hat auch so seltsame Ohren hier geht es zum Trophäen Garten der Garten steht ein Besuchern auf aber vorsichtig im Garten kann plötzlich wilde Pokémon auftauchen oh so 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 plötzlich wilde Pokémon auftauchen im Garten das wäre ja eine Schande ich glaube Trophäen Garten habe ich auch komplett mit Generation 6 durcheinander gebracht wo es auch solche Garten gibt die man auch sucht Hubelup auf welchem Level entwickelt sich Hubelup ich weiß es nicht aber auf jeden Fall gutes Pokémon das wir weiterentwickeln können wenn wir die Gelegenheit bekommen ich habe wieder vergessen Flottbar einzusetzen jedes Mal vergesse ich das aufs Neue ich meine Hubelup an sich ist absolut entsetzlich verstehe mich da nicht falsch aber wenn wir es weiterentwickeln können wer weiß was wir alles bekommen könnten das kann vielleicht Schlafpuder oder sowas lernen was auch ganz nett wäre ich glaube es entwickelt sich auch erst auf Level 36 das wäre aktuell auch etwas ungünstig ist schon Finsterball Saison ich glaube schon nein nein immer noch nicht und da ist das Giftpuder welches aber keine Wirkung hat äh Hyperball flieg und sieg und fang das Hubelup schon müssen wir es jetzt wirklich schwächen ist das jetzt wirklich nötig aber ok 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 wenn es sein muss dann machen wir einen Zertrümmerer ich hoffe du bist zufrieden oh das macht entsetzlich wenig Schaden ich dachte der Zertrümmerer ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht oh vielleicht macht der Zertrümmerer zu viel Schaden aber ich habe das Gefühl ich habe Schnäbleins Angriff in der Situation deutlich überschätzt ok äh wenn ich nochmal Zertrümmerer einsetzen würde würde Hubelup das überleben? sollte er ja ja wird es auf jeden Fall wir werden trotzdem erstmal einen Hyperball werfen nachdem ich jetzt sowieso gerade ein Schläblein eingelegt habe komm schon komm schon yes wir haben Löwenzahn gefangen ich weiß was ist das Löwenzahn-Pokémon wusstet ihr dass Löwenzahn unter äh neuem Namen weiterläuft bzw. ich würde irgendwie ein Reboot namens Löwenzähnchen wir haben nie was davon gesehen aber existiert ich bin nicht mehr ganz in der Zielgruppe müsst ihr wissen soweit es wärmer wird blüht es auf es schwebt am Himmel und nimmt so viel Sonnenlicht wie möglich auf Löwenzahn als Peter nicht mehr dabei war war Löwenzahn für mich gestorben äh Hubelup Blume Sonnenblume nicht Sonnenblume, Löwenzahn äh von Löwenzahn kennen wir den guten Peter also ist das Löwenzahn-Pokémon weiblich wo sind Buchstaben äh die gute Petra recht ja das ist ähm ja ziemlich kreativ ich 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 hab keine Ahnung ich weiß auch nicht was ich immer den Pokémon für dumme Spitznamen geben muss soll irgendwo muss ich die Spitznamen auch hernehmen okay ich bin auch keine Spitznamen-Maschine ja ja das ist das auf jeden Fall das ist eine Einstellung die ich nachvollziehen kann nicht wirklich leg mich nie tagsüber ins Bett aber hab ich das jemals gemacht ich hab keine Ahnung wo du zum Trophäen-Gart Popot fangen kannst und wenn du also ein Pokémon wenn du das ein Pokémon gibst wird es schneller freundlich noch eine Sanftglocke okay ist hier was ich werde jetzt nachschauen wie viele Sanftglocken wir haben denn wir haben so viele bekommen im Lauf des Playflows wie viele Sanftglocken haben wir drei Bandsticker dreimal Seegesang vier Sanftglocken jetzt ist aber langsam genug ich mein danke schätze ich aber es ist genug Tauchball oh ja Tauchball bei der Tauchball kann man tauchen ja so in vier nein es kam jetzt in fünf wieder zurück oh und dann nie wieder ein Omega Rubin Remake Moment Tauchball will ich nachschauen ein Ball mit dem sich Pokémon die auf dem Meeresgrund leben besser fangen lassen sind wir vielleicht Pokémon gemeint die man geangelt hat Willkommen hier kannst du ein stolzes Landgut zum Kampf auffordern die fünf Zofen die Aufgabe besteht darin alle fünf von uns hintereinander zu besiegen und zwar ohne Pause oh okay 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 ja 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 okay äh wir fangen an meine Lieblingsfarbe ist blau und deshalb fange ich auch an hier gibt es Sinn ich hoffe einfach dass ich Erfahrungspunkt dafür bekomme das wäre ganz hilfreich oh ein Plauder Guy ich hoffe wir werden das Level 25 Plauder Guy direkt mit dem Feuer zu angekillt bekommen aber ich bin fast optimistisch jetzt muss ich eigentlich insgesamt für alle Kämpfe zusammen sechs Runden oder weniger brauchen oder pro Kampf weniger als sechs Runden wir werden sehen du bist so stark yeah ja das stimmt schon es ist schön dir im Kampf zu begegnen grün ist meine liebste Farbe meine Lieblingsfarbe ist keine Ahnung wenn schwarz ist technisch gesehen eine Lieblingsfarbe in irgendeiner Hinsicht ja ich würde mich für ein gutes altes Schwarz entscheiden äh ich denke ich mach einfach Knirscher die gute alte Knirscher hat mich noch nie im Stich gelassen wie gesagt noch nie im Stich gelassen und da sind sehr einfache Erfahrungspunkte für Baurer soweit du bist so stark yeah das erzählt man sich ich war Nummer 2 und schon ganz schön zäher aber die nächste ist noch zäher meine Glücksfarbe ist gelb gelb wie die warmen Sonnenstrahlen so bin ich ah Sonnenstrahlen sind nicht gelb warum sollen Sonnenstrahlen gelb sein rechtfertige dich oh die sind jetzt mal ein bisschen stärker Level 29 Dictory die gute Sache ist dass Dictory eine sehr oooohh komm schon ihr verschwendet Zeit ich wollte sagen die gute Sache ist dass Dictory eine sehr niedrige Verteidigung hat was auch immer noch der Weite entspricht aber komm schon oh mein Gott ach das war nicht gut das war überhaupt nicht gut es hat so viel Schaden gemacht du bist so stark das war gerade mal Nummer 3 oder ne ich sitz so für sein ganz kleines bisschen stärker als ich ich kann ohne Pink gar nicht leben und ich bin die vierte in diesem äh irgendwas Nummer 4 oooohh Vostelka ist ein perfekter Gegner Vostelka bekommt ein Feuerzahn und dann werden wir sehen ob es noch steht was gut sein kann es hat nämlich eine sehr hohe Verteidigung aber die Schwäche hat sich durchgesetzt sehr schön Level Up für Bora Level 9 und 30 du bist so stark ja 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 doch ja 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 Relicant ist sogar ein Pokemon gegen das ich äh auswechsele für strammen Max denn äh das ist nicht gut soweit das ist doch ein Diktri wäre das nicht da gewesen dann wäre das alles kein Problem gewesen und schon haben wir die Runde überstiegen reicht eigentlich Erdbeben um dich zu one-shotten ich glaub Relicant könnte eine relativ akzeptable Verteidigung haben ich mein das ist Relicant das ist quasi neben das Fossil oooohh so viele Runden so viele Runden aber wenn ich das ganze nochmal machen könnte könnte ich das mit strammer Max machen und äh ich könnte ja alles problemlos abschließend innerhalb von 6 Runden du bist so stark 5 von uns hast du besiegt wir schaffen das schaffen nur die wenigsten Glückwunsch nicht übel die angestrebte Rundenzahl betrug 6 du hast 8 Runden benötigt um die Zofen zu besiegen oh na das war dann doch eher nüchtern aber es sollst du immer noch die 5 Zofen besiegt darauf kannst du stolz sein komm bitte morgen wieder ok das kann man jeden Tag machen ich mein ein Erfahrungspunkt für mich ich glaube ich werde mal eben noch kurz eine kleine Heilung verwenden denn ich habe ja keine Ahnung was es noch erwartet und der gute Bohrer der gute Bohrer will weiterleben so ich würde übrigens sagen wir machen das heute noch und dann wäre ich die Route 212 noch zu Ende Herr Reichedel hat er so ein sinnhaft teuer aussehendes Buch es übt eine seltsame Anziehungskraft auf mich aus ja dann mache ich noch Route 212 fertig und dann sind wir am nächsten mal bereit für die Arena mehr oder weniger Herr Reichedel ist der Besitzer des Anwesens das ist sein Büro tut mir wirklich leid aber der Bereich ist ab hier für Besucher gesperrt bitte geh nicht dort entlang Herr Reichedel schimpft wieder mit mir weil ich fremde Leute durchlasse Herr Reichedel ich nehme das noch mit Schaufler ich habe nicht wirklich Pokémons davon profitiert darfst du dir anschauen berühren darfst du die Pokémon Statue nicht Stopp das berühren der Figuren mit dem Pfoten ist verboten Hallo Hallo willkommen auf meinem prächtigen Landgut hier gibt es viel drinnen und draußen auf das ich sehr stolz bin mein größter Stolz ist aber der Trophäen Garten warum beide Reisen auf sich nehmen wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen sie kommen in mein Garten um meinen Garten zu sehen und du bist herzlich eingeladen ihnen dabei Gesellschaft zu leisten O Master ist wirklich eine wunderbare und großzügige Person auf seine Anweisung hin was steht der Garten allen offen auch Trainern egal sind vollgeschaffte Pokémon Artikel naja meine auch aber ich bin nicht ja Reichedel gut dann würde ich sagen Route 212 und dann habe ich genug geschafft für heute ich bin gerade eineinhalb Stunden dabei diese Folge aufzunehmen für das Protokoll haha das zieht sich ein bisschen ok ich schaue in das Haus Scherben gesucht tausche gegen Pokémon Attacken ich habe keine Scherben ich dachte kurz ich kann ja meine Pokémon aufheilen oder so aber ich will gar nicht sie ansprechen ich würde sagen ich bin erstmal fertig soweit ich weiß ich wollte noch die ganze Route machen aber ich bin so lange dabei ich bin ein bisschen erschöpft immer noch das geht mir gerade alles zu lang ich würde sagen beim nächsten Mal werden wir trotzdem ich werde dann noch schnell durch den Rest der Route spulen und dann stellen wir uns zur Arena ähm was eventuell gut ausgeht aber wahrscheinlich nicht wir werden sehen äh vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und ähm äh gute Nacht spürt gespeichert oh mein Gott äh hi willkommen zurück Pop'n Platin Randomizer Nassau Challenge und jetzt lass mich kurz erklären warum ich zum Herrn da oben warum ich seinen Namen in den Mund genommen habe ähm ich habe gerade für eine Stunde sowas trainiert es war eine dreiviertel Stunde ich versuche mich nur aufzuspielen ähm ich habe gespeedet deswegen ging es so schnell also ich habe den hier gemacht und äh ich war sehr viel schneller unterwegs und äh das ist mein aktuelles Team was ihr vielleicht am Rahmen erkennen könnt ich habe mir Mühe gegeben sie hochzuleveln okay und ich habe mich für Nosferatu entschieden Sie lassen mich kurz die Schicht erklären warum ich kurz schockiert war und zwar ich dachte mir gerade ja ich werde jetzt die Aufnahme starten und äh dafür habe ich äh Retro Archive geschlossen und dann äh als es geschlossen war dachte ich mir habe ich gespeichert? habe ich überhaupt gespeichert? und ich war mir so sicher dass ich nicht gespeichert habe und äh jetzt habe ich das Spiel gestartet jetzt hat sich herausgestellt dass ich gespeichert habe und puh ich glaube die Sache war ich habe mit doppelter ich habe noch gespeedet als ich gespeichert habe deswegen ist es mir nicht so ganz aufgefallen aber mein Gott das ist äh ziemlich angenehm auf jeden Fall habe ich mich dazu geschlossen Nosferatu noch eine Chance im Team zu geben warum? ich habe im Kommentar gelesen von jemandem der meinte hey ich meine sicher ist Nosferatu nicht das beste Pokémon aber ist es nicht der Sinn unter den Nasdaq Challenges dass man genau solche Pokémon ins Team nimmt und ich dachte mir ja wir werden Nosferatu eine Chance geben dem alten Blutsauger das hat Gewissheit gelernt ja was ein Angriff ist der uns vermutlich nicht viel bringen wird aber Konfu-Strahl und Fliegen sind okay würde ich sagen das heißt damit können wir so etwas anfangen und es ist generell relativ stark mit Fliegen einfach es ist wirklich in Ordnung würde ich sagen bisher und dann äh das habe ich übrigens hier direkt an äh neben Blizzard auf der einen Route trainiert denn da sind relativ viele Käfer und Kampf Pokémon was mein Leben erleichtert hat und natürlich mit dem Glücksei oh mein Gott Speed und Glücksei das erleichtert mein Leben ungemein und ja ich habe es wirklich trainiert die Sache ist nämlich ich kann nicht einfach Sonderbombos cheaten ich meine ich könnte aber das Problem ist wenn ich Nosferatu zum Beispiel damit hoch trainieren würde würde es keine EVs bekommen EVs sind natürlich die Effort Values welche Pokémon für jedes besiegte Pokémon bekommen und äh die machen im Endeffekt einen großen Unterschied von den Stats das heißt je mehr man mit dem Pokémon kämpft desto stärker ist es das ist nicht nur eine Sache die euch einbildet das ist eine Mechanik im Spiel aber ich glaube er ist seit Generation 3 ich bin mir nicht ganz sicher und der Schnäblein habe ich im Kampf gegen andere Voluminas äh trainiert und zu Schnäblein gibt es eine interessante Sache die jemand angemerkt hat und ich glaube ich sollte weiter entsprechen und zwar ist euch doch aufgefallen dass ich im letzten Part im Hohen Gras auf sehr viele andere Voluminas getroffen bin der Grund dafür ist Magnetfalle ähm die Fähigkeit Magnetfalle verhindert zum einen die Flucht von Stahl-Pokémon aber es bewirkt wohl auch dass wenn es in dem Hohen Gras so auch wenn man sich befindet wenn es da wilde Stahl-Pokémon gibt dass die mit der 50% wahrscheinlich äh mit der 50% Wahrscheinlichkeit äh auftauchen werden als wilde Pokémon das heißt es erklärt auf jeden Fall warum wir ähm äh warum wir zuerst einen Tarnheil bekamen und einen Metacross und dann natürlich äh wir wie viele ähm andere Voluminas gesehen haben und äh ich habe ihm Stärke verlernt weil ich mir dachte wenn es einen Angriff lernt wäre es nicht gut wenn ich zwei ähm VMS da hab Zertrümmer habe ich gebraucht um andere Voluminas äh zu besiegen und äh es hat Sandsturm gelernt welchen wir nicht wirklich einsetzen wollen aber schwäche Verteidigungswerte an das ist enorm das ist so schade dass wir vom Spezialangriff immer noch nicht Gebrauch machen können aber das bekommen wir schon noch hin gab es sonst noch Änderungen ich meine Training von Boren habt ihr mitbekommen ich würde aber sagen oh ja wir müssen ihnen noch Items geben Moment wir werden wir werden heute noch die Arena machen fürs Protokoll was gehen wir schnell bleiben am besten ich würde fast sagen dass wenn wir noch Überreste übrig haben dass das eine übermäßig akzeptable äh überlegung wert wäre ehrlich gesagt ihm das zu geben denn Pokémon mit so einer Verteidigung würde sich darüber freuen wenn es noch ein paar KP regenerieren kann zusätzlich ich hab keine warte wer hat wer hat alles Überreste Sitzbank hat Überreste dann werden wir doch zweimal Überreste oder nicht Skoblinser dann werden wir nicht zweimal Überreste Moment es tut mir leid ich bin kein Grabräuber aber äh äh eine Perle gib mir die Perle Perle äh in den Beutel Zauberwasser Giftschleim Glücksall Rosenrauch wow das war Giftschleim was wir da hatten natürlich Giftschleim hm das heißt wir haben keine zweiten Überreste übrig wir können natürlich Zauberwasser verwenden aber ich 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 weiß nicht ich würde fast überlegen ob ich Zauberwasser nicht vielleicht ähm nein 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 Sitzbank nein ich wollte gerade überlegen ob ich Sitzbank nicht äh das Item geben könnte aber nein Sitzbank muss den äh muss die Überreste behalten ich will nicht das Überleben von Sitzbank gefährden und das ist wichtig hätten wir nicht vielleicht irgendwas was Gesteinsangriffe verstärkt das finde ich ehrlich gesagt ziemlich okay oh Hackattack äh verstärkt Fluchangriffe das geben wir direkt Nosferatu hm ich meine Zoomlinse wäre okay schätze ich wir geben schnellbleu eine Zoomlinse einfach weil ähm Steinhagel keine 100% Quote hat aber damit sollte es eine haben ich denke das ist ganz ordentlich und dann haben wir natürlich auf Route 212 noch ein bisschen was zu erledigen und damit meine ich es sollten noch ungefähr 3 Trainer übrig sein und ich versteht ihr ja ich bin nicht begeistert aber schauen wir kurz vorbei die Frage ist wie 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 viel haben wir jetzt von dem Weg wie weit sind wir hier gegangen ich glaube hier bin ich nur bis zum Sumpf rüber gegangen oder das heißt hier sollte es auf jeden Fall noch weiter gehen und es gab noch ein paar Items bei den Anglern die ich gesehen habe die ich beim letzten Mal mitnehmen wollte aber ja dann war ich am Abend nicht so fit übrigens fürs Protokoll mir geht es besser es war auch nicht so übel es war nur eine gewisse Erschöpfung zu bemerken versteht ihr TM07 oh Gott sagst du ich stecke im Borass fest wer zählt den Sollenblödsinn das ist eine Ganzkörperschlammkur ah ja die die mache ich tatsächlich auch öfter wenn es sich anders verhielten würde ich wild herumzappeln um mich zu befreien haha yeah Schlamm ist so spaßig in diesem Spiel ich bin so froh dass er existiert ich wünsch den gäbe es noch in anderen Spielen er ist einfach so spaßig oh ein Bild ist Xatu interessant Stramamax kümmere dich darum denn wir brauchen ein paar äh auch wenn die Skoplins sind ich auch nein nein Skoplins ist schon sie ist schon okay bei ähm Stramamax ich habe überlegt ob ich sie nicht vielleicht äh ähm Schnellblatt geben könnte damit Schnellblatt vielleicht extra Schaden aushalten aber ich denke wenn Stramamax manchmal Volltreffer landet ist das sogar noch sinnvoller weil die dann einfach direkt killen Eisen das ist ziemlich aufregend soweit ach komm schon ich habe das Gefühl der Schlamm sieht auch wenn er im Immolator hoch skaliert wurde nicht ganz richtig aus okay und hier waren wir beim letzten Mal das bedeutet wir können auf jeden Fall noch äh das Item ich habe keinen Zerschneider wir können das Item mit drüben auf jeden Fall noch mitnehmen und ich glaube das war dann erstmal soweit alles ja ja das sollte er hinhauen ähm wo ist mein Fahrrad Fahrrad wo ist es wo ist es da ist es und wir bekommen Schlammbombe Schlammbombe war der Bodenangriff richtig Schlammbombe ist nicht verkehrt Schaufler wo habe ich Schaufler bekommen ne wo wird schon gewesen sein ähm wo ist er hin Schlammbombe Boden und speziell Moment oh komm schon Lern Geofissur Schnellblein NEIN Schnellblein kann keine Geofissur lernen kann Schnellblein Schlammbombe lernen das wäre nämlich echt hilfreich Schnellblein kann Schlammbombe lernen ich würde sagen dann bringen wir Schnellblein Schlammbombe bei und partner Moment Sandsturm weg NEIN ich will jetzt lernen ich will Sandsturm fair lernen ich bin nur in der Zeile verwutscht und natürlich werde ich jetzt die Frage stellen werden wir den Zotenkampf nochmal machen äh ich würde sagen wir werden ihn was heißt wir werden ihn jetzt direkt nochmal machen also Schmeichler erhöht Spezialangriff ich würde sagen machen wir nach der äh Arena aber eigentlich wollte ich das sowieso mit Strammermax machen und Strammermax ist gerade unser schwächster Kämpfer also äh werden wir das mal eben in den Angriff nehmen das ist ein cleverer Weg den ich gerade gehe sollte okay sein Strammermax wird damit dann auch Level 40 erreichen und dann sind alle auf 40 und dann sind wir bereit ja was ich gerade sehe ich kann hier auch einfach rüber surfen ich bin mir sicher das hat noch niemand den Kommentaren geschrieben oh mein Gott wir haben Zeitenlärm war der Dialga Signaturangriff okay ist der gut ich meine er ist gut aber ist er für mich gut anwender attackiert mit einer Kraft die selbst die Zeit verzerrt der nächste Runde muss er ruhen ich meine das ist ehrlich gesagt schon direkt ein absolutes No-Go für den Nasog Challenge aber mal schauen Sitzbank könnte es lernen aber ähm ich denke ich werde drauf verzichten denn Sitzbanks andere Angriffe sind dadurch dass sie Steps sind also Surfer und Eichstrahl sind stärker beziehungsweise sollten ein bisschen schwächer sein sie sollten keine Ahnung auf ungefähr 140 Stärke kommen aber komm schon was ist der Teil gerade ich hab keine Ahnung ich hab sie gesehen äh ja jemand wird's anmerken ich will jetzt auch nicht in die Aufnahme ich will jetzt die Aufnahme nicht bänden und durchskippen okay also stellen wir uns den zotigen Zoten da würde ich sagen ich werde einfach durchspeeden denn ich bin mir relativ sicher dass die nochmal die gleichen Pokémon verwenden werden und dann holen wir uns einen Preis ab sofern man einen bekommt aber ich denke man wird was bekommen die 5 Zoten äh Präzisions K.O. Wettkampf der die eingestrebte Zahl der Runden beträgt heute 5 oh oh äh ja okay 5 Runden ich glaube nicht dass ich das schaffen werde ehrlich gesagt 5 Runden ist halt schon extrem wenig und ja wir werden übrigens auch noch Flausche trainieren glaubt mir das werden wir noch machen wenn die Zeit dafür gekommen ist es ist nur komm schon wisst ihr wenn ich jetzt trainiert habe für das ganze Zeug was wir bisher haben komm schon gib mir ein bisschen mehr Zeit hey wir schaffen keine 5 Runden ist das nicht ziemlich cool Postelka ist einfach das ist einfach zu tanky ich kann nichts machen aber okay dafür sollten wir auf Level 40 bitte Stramamax noch erreichen können und es ist nicht das wofür wir letztendlich hier sind wenn es endlich Sternenhieb lernen würde wäre das übrigens echt cool aber ja das werden 6 Runden leider relativ interessant dass das jeden Tag ähm random ist wie viel äh rund man machen muss und Level 40 für den strammen Max komm schon lernen Angriff Angriff plus 5 Eisenabwehr nein besser ist Verfolgung welche ich nie einsetze vielleicht wird Eisenabwehr noch hilfreich für uns wer weiß das schon ich meine wie gesagt Verfolgung setze ich nie ein also du bist so stark und jetzt bin ich wieder zu schlecht und bekomme nichts richtig Glückwunsch nicht übel die eingeschriebte Rundenzahl betrug 5 oder 6 Runden benötigt um den Zofen zu besiegen das war dann doch eher nüchtern aber was sollst du immer dann hast du 5 Zofen besiegt darauf kannst du stolz sein komm morgen wieder 5 Stück ist halt auch unfair muss ich da zu fairweise sagen ich meine komm schon ich muss einfach nur jedes Pokémon one shotten das ist nicht fair das ist nicht cool apropos nicht fair und nicht cool es ist an der Zeit nach Blizzard zu gehen und zu kämpfen ich bin übrigens erstaunt wie schwer einfach der Weg nach Blizzard in diesem Spiel ist ich weiß noch dass bei meiner Diamanten also dass ich hier auch erstmal sich in Blizzard quasi super viel trainieren musste ich glaube ich hatte auch Pokémon unterwegs verloren ist einfach ein harter Weg bis hier hin erinnere ich das Gefühl und übrigens wenn das nächste Pokémon stirbt werde ich Palki ins Team nehmen die meisten Leute meinten ey du hast es gefallen du kannst es auch ins Team nehmen und äh ich stell mir soweit zu vorher meinte ich ja ich würde es dann ins Team nehmen wenn ich vielleicht bis auf 2 Pokémon runter geschwächt werde oder so oder dann habe ich einen Pokémon verloren bis auf 2 aber ja wenn Dorin stirbt dann werden wir die Palki Karte ausspielen glaube ich mal schauen jetzt wo ich es so ausgesprochen habe ich weiß nicht wie ich das will hallo hallo möchtest du einen Nippe Spruch hören? ja nun gut der Nippe Spruch lautet Gold wert das ist total in das zu sagen hm ich weiß ja nicht gib mir bunte Scherben und ich bring deinem Pokémon Attacken bei uh können wir was? bunte Scherben ey ich will keins von beiden lernen haben wir nicht bunte Scherben überhaupt? ist beim Attacken erlernen da irgendwas interessantes dabei? ich glaube nicht wirklich ja das sind keine guten Angriffe hm vielleicht finden wir noch irgendwas ich glaube ich habe nämlich eine bunte Scherbe aber Borra ok ist ja was das ist das ist mir zu blöd es ist immer nur der gleiche Schwachsinn mein Schal sieht ungeheuer warm aus sollen hätte ich auch gern das ist das mein Schal und der ist ungeheuer warm und sehr schick zu gern würde ich mich im Blizzard Tempel umsehen aber dort dürfen nur die härtesten Trainer hinein also muss ich draußen bleiben nein das ist genau der richtige Ort für mich Frieda bringt mir alles über Pokémon bei sie sagt dass man zu Beginn erstmal eine Freundschaft mit ihnen schließen muss den Teil habe ich übersprungen an und ich bin trotzdem der stärkste Trainer der Welt geworden werde ich noch werden ich bin es aktuell noch nicht aber wir nähern uns der Sache du hast nicht zufällig einen Pokémon namens Simsala Simsala gegen Plipprin tauschen ich weiß nicht mal wer was Plipprin ist ehrlich gesagt aber ist die Weiterentwicklung von Plinfa oder? hm äh nein 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 ich würde sagen ich würde Simsala nicht eintauschen wenn ich eins hätte muss ich ganz ehrlich gestehen kann ich hier nicht hoch? da braucht man glaube ich die Regis um da rein zu gehen nur Auserwählte dürfen den Tempel vom Blizzard betreten es tut mir leid du musst wieder gehen ok gleich können wir da noch rein ich würde die Gegers killen wenn ich die Wahl hätte wenn ich die Möglichkeit hätte ah ich will doch schnell in den Shop gehen denn ich glaube ich würde gerne den ein oder anderen Hypertrank kaufen und dann sind wir bereit dann sind wir bereit bin ich wirklich bereit? ich glaube nicht aber wir müssen auf jeden Fall dann langsamer loslegen mit der nächsten Arena auch wenn ich nicht begeistert davon bin aber es ist wie es ist äh Hyperheiler noch Lavakekse aber man kann nie genug von dem ganzen Zeug haben was verkaufst du noch? Finsterball wie viel Finsterbälle haben wir? ja 10 Stück sind okay Flottball den vergesse ich jedes Mal einzusetzen Timerball haben wir auch noch mehr als genug ok ich bringe meinen Pokémon Hilfe technischer Maschinen Attacken weil ich versuche verschiedene Attackentypen miteinander zu kombinieren wieso fragst du? wieso bereite ich mich auf den Kampf gegen die Top 4 der Pokémon Liga vor man sagt die Top 4 sollen weitaus stärker sein als jeder Arenaleiter wow für den Pokémon eingefroren so taucht es nach einer Weile wieder auf aber ich an deiner Stelle würde jedoch einen Eisheiler bei mir haben ok es kommt nicht oft vor dass man den Eisheiler tatsächlich einsetzt so Pokémon sind aufgeheilt ja wisst ihr was ich glaube an Nosferatu und deswegen darf Nosferatu an die erste Stelle und zeigen was es drauf hat oh Gott oh nein ich erinnere mich null an diese Arena der Trickboden der Arena macht dir schon zu schaffen oder? wenn du während des Kampfes dich die Ruhe bewahrst bist du verloren ich bewahre die Ruhe während des Kampfes Daudri oh du erinnere mich für einen besseren Vogel als ich das wollen wir ja mal sehen wir fliegen los was macht der Akkupressur Beteiligung steigt stark warum kann ich ich meine ich würde es nicht einsetzen aber warum kann ich sowas nicht ach komm schon das ist nur damit Nosferatu einen möglichst schlechten ersten Eindruck macht ja was soll es denn jetzt auch machen nach dem naja was seid ihr von dem Schaden wir werden nicht aufgeben Triplette ist so oh Triplette sieht ja Triplette sieht nicht mehr cool aus in der Nation 4 es tut mir leid oh mein Gott warum macht Triplette immer ok Daudri du hast es geschafft du bist jetzt du bist in dem Fall der langschnäbelige trauende Generation 1 Vogel der gewonnen hat bist du jetzt zufrieden warte wir brauchen Spezialangriff physische Verteidigung ist nämlich enorm hoch ich verstehe schon weil jetzt steigt der Fluchtwert stark auf das einzusetzen Spezialverteilung steig was ist dieser Ange dieser Move ist ein Problem dieser Move ist ein Problem ok ich bilde mir immer ein dass Surfer eine etwas höhere Trefferquote hat als es eigentlich hat und deswegen setze ich wenn er der Fluchtwert gesteigert ist immer auf Surfer muss das jetzt wirklich sein oh mein Gott dieses Daudri dieses Daudri stört mich gerade so sehr ich meine es macht nicht persönlich viel Schaden es ist einfach nur es ist einfach nur wirklich nervig komm schon Sitzbank oh mein Gott muss das jetzt werden das ist der erste Kampf der Arena müssen wir das jetzt wirklich so durchgehen ich meine ok natürlich setzt es Triplette ein es will natürlich den Kampf gewinnen auch wenn es den Kampf nicht gewinnen kann weil es dafür viel zu wenig Schaden macht aber mein Gott das war sehr viel nerviger als ich mir gewünscht hätte aber habt ihr ja trotzdem gesehen dass der Schaden von Nosferatu wirklich ok war ich hoffe es habt ihr gesehen denn ich habe es gesehen ich fand die ziemlich ok Corazon ich denke dafür werde ich direkt auf den strammen Max auswechseln und dann werde ich direkt die Arena verlassen und ins Pokemon Center gehen und dieser Kampf war nervig und hat meine Pokemon paralysiert ist mir egal wie du auf die Wasserring machst geh' mir aus den Augen Corazon Erdbeben ich meine ansonsten kommen wir gut voran ist kein Pokemon gestorben es war nicht mal knapp also wenn ihr mich freut ist das soweit eine akzeptable Leistung Und das war Kovason Und ein Tornupto Es lässt mich einfach nicht los Es kann mich einfach nicht in Ruhe lassen Dieses dumme Tornupto Absolut schrecklich Oh, es hat schon Flammen in Ruhe Jetzt kommen langsam die gefährlichen Angriffe Aber schnell bleiben Tankt das weg wie nichts Steinhage Sie weiß, ich ziehe das Es tankt das weg wie nichts zurück Denn es sind doch mehr Steine, als ich mir wünschen würde dadurch Aber es ist nicht verbrannt Das ist gut Schaden macht Steinhage Akzeptabel Ich traue mich aber nicht direkt weiter anzugreifen Deswegen gönnen wir uns mal eben Einen Hypertrank und dann machen wir noch einen Steinhage Wenn eh Tornupto jetzt ein Volltreffer landet Dann war es das mit Schnäblein Ich hoffe es übrigens Das wird jetzt nicht wie ein Wortwitz klingen Aber das Tornupto ist brandgefährlich Von dem müssen wir wirklich aufpassen Und ich bin sehr froh, dass wir Schnäblein da haben Ansonsten hätte das wirklich gefährlich werden können Und es hat dieses Tornupto und sein Einigler Die können einfach nicht ohne einander Oh, das ist ein geschicktes Pokémon Verteilung erhöht, damit es nochmal angreifen kann Das war ein starker Flammenwurf Oder Flammenwurf Stärker durch ein Ich könnte schwören, es hat seinen Spezialangriff gerade erhöht Das war mysteriös Aber wir haben gewonnen Du bist überraschend cool geblieben Ja Ziemlich cool Kann ich einfach zurück? Ich kann einfach zurück Suchen wir den nächsten Trainer Oh, hier geht es runter Aber hier geht es nicht nach oben Okay Äh, ja, ja Wir werden das schon hinbekommen Meine Willensstärke wurde durch alles Kante Schnellstürme geformt Jetzt wirst du Zeuge dieser Willensstärke Willensstärke also Kann ich nicht hätte Willensstärke Dafür bin ich zu Willensschwach, habe ich das Gefühl Oh, perfekter Gegner für Nosferatu Werden auch Level 44 Aber wisst ihr was? Ich sage Nosferatu hat alles im Griff Ich liebe übrigens vegane Sprite So am Rande Schau euch an wie fröhlich es ist Und wie es stolz vor sich hin marschiert Das ist das Sieht super cool aus Oh, was haltet ihr davon? Und es setzt nichts anderes als Lockduft ein Das heißt wir haben den Kampf gewonnen an dem Punkt Generell warte ich immer noch an dem Punkt An dem Game Freak sich Mühe gibt Und irgendwelche der 3D Models So viel Charakter haben wie die Sprites von damals Aber ich glaube das wird nicht passieren Alter so Ist nicht wirklich okay Aber es ist wie es ist 1960 Oh, das sind meine Erfahrungspunkte Du hast dich mal beunruhigt Nein, du hast mir auch nicht mal Schaden zugefügt Muss man dazu fairerweise sagen Hier könnte ich einfach nach oben Und dann Darüber Es ist zu kalt Ich kann selbst meine Zunge nicht mehr spüren Es ist so kalt Dass ich zittere Steht ihr? Volteros Das dagegen ist natürlich ein klassischer Moment Wo man wissen muss Wann es besser ist Sich zurückzuziehen Und Es ist besser Sich zurückzuziehen Das ist eine Sitzbank-Situation Sitzbank Du schaffst das Angeberei Bisschen nervig Aber nicht unbedingt ein Angriff Um den sich Sitzbank Allzu viele Sorgen machen muss Surfer Ganz ruhig bleiben Sitzbank Nein Lass ihn Lass ihn Sich nicht auf dich setzen Du bist bequem Du wurdest geboren Für den Transport Aber dieses Pokémon Hat ein zu breites Fahrgestell Um darauf Platz Nehmen zu können Wir können keine solchen Plätze vergeben Wir werden pleite Wenn wir sowas machen Und jedes Pokémon Kann Antikkraft Jedes einzelne Pokémon In diesem Spiel Kann Antikkraft Ihr denkt Es gibt einen Pokémon Das diesen Angriff Nicht kann Ich sage Ehrlich falsch Denn jedes Pokémon Kann ihn Und da ist Die gute Ausdauer Der spaßigste Angriff Vor allem weil er in dem Fall Ab Ja wobei Er hat uns geholfen Ich würde sagen Vor allem weil er in dem Fall Keinen Zweck erfüllt hat Aber dadurch kann Sitzbank noch ein bisschen Mehr Heilung reinholen Und Das wird unser Leben erleichtern 10kp können Oftmals den Unterschied Zwischen Leben und Tod Ausmachen Und das ist ein Level Up Für Nosferatu Stats steigen Okay Fast Will ich Ruheort lernen Meine Sache Sie werden Gewissheit Halt nie verwenden Hat Gegner Während dieser Runde Bereits Schaden genommen Wird die Kraft der Attacke verdoppelt Ich weiß nicht Unter welchen Umständen Das überhaupt zutrifft Wenn der Gegner Schneller gegen einen ist Und wenn der Bodycheck Oder sowas einsetzt Ich verstehe nicht ganz Wie Gewissheit funktioniert Deswegen Wir ignorieren das Und ein Lady Würde sagen Das ist soweit Gewonnener Kampf Für uns Auch wenn ich immer noch Denke Dass Lady Cool ist Es ist aber mindestens Ich weiß Es ist nicht ganz So cool Wie es schwach ist Ich wollte zuerst sagen Es ist mindestens So cool Wie es schwach ist Aber so cool Ist es nicht Und es ist schon Sehr schwach Leveltechnisch Stehen wir nicht Hervorragend Aber Wir sollten doch Nah genug An der Grenze Sein um Überstehen zu können Außer es kommt Irgend ein super starkes Legendares Aber an dem Punkt Muss ich fairerweise Sagen Was soll man denn machen Was soll man denn machen Wenn Keine Ahnung Level 50 Die Alga Vor uns steht Da haben wir nicht Mehr so viele Möglichkeiten Ich glaube Es würden wir schaffen Mit Metacross Aber Machen wir mal Nicht den Den Der Das geht den Giratina An die Wand Das Giratina Quasi der Teufel Sollte schon Hinkommen Vergesse immer Was seine Rolle Ist Und was die Von Darkrai Ist Ich verwechsel Die beiden Generell öfter Als ich sollte Und ja Ich weiß Das Teil Keiner Das Albtraum Pokémon Ist Aber Dennoch Öfter Ich weiß Übrigens Noch Absolut Nicht Wie ich Zum Arena Alter Kommen Soll Ich Befasse Mich Seit Noch Nicht All Zeit Mit Pokémon Meine Freunde Haben Mir Durch Training Zu Diesem Steinen Aufstieg Verholfen Dann Zeig Mal Wie Steil Dein Aufstieg Ist Beim Training Es Nimmt Halt Auch Einfach Kein Ende Sind Wir Schneller Wir Sind Nicht Schneller Es Macht Flammen Sturm Oh Mein Gott Okay Das Ist Fürchterlich Das Ist Nicht Gut Okay Okay Yeah Gehen wir Schnellblein Dann Versuchen Es Dann Direkt Mit der Paralyse Das Gefühl Turnip Das Ein Pokémon Das Man Auf Keinen Fall Unterschätzt Sag mal Verbrennt Das Jetzt Jedes Mal Mach 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 die Donner Donnerwelle Ich bin Gerade Wirklich Nicht Begeistert Hiervon Das Hauptproblem Ist Dass Verbrennung Meinen Physischen Angriff Halbiert Ich bin Sowieso Fast Tot Mit dem Pokémon Das Ist Fürchterlich Wir Haben Eine Relativ Große Feuerschwäche In diesem Team Aktuell Noch Das Gefällt Mir Nicht Sitzbank Ist Okay Gleichzeitig sind Feuerangriffe Gegen Sitzbank Auch Nur Neutral Aber Sitzbank Hat Eine Gute Spezial Verteidigung Mein Gott Dieser Flammsturm Hat Einfach Gar Kein Schaden gemacht Surfer Das Sollte Doch Okay Laufen Oder Das Läuft Okay Paralisiert Yes Das Wollte Ich Sehen Und Sitzbank Heilt Sich Noch Ganz Geschmeidig An Den Überresten Voll Labe An Den Überresten Übrig Gelassen Haben Ein Halber Keks Ein Viertes Stück Eines Apfels Sitzbank Es Gehört Alles Dir Schreng Norm Ist Das Symbol Von Überresten Natürlich Nur Ein Kleiner Apfel Der Der Schon Mal Gegessen Wurde Aber Ich Stell Mir Vor Dass Da Noch Ein Besseres Für Sitzbank Mit Drin Ist Ein Matt Brand Da Ist Es Eben Falls Brand Gefährlich Und Sie Können Alle Flammen Sturm Und Dieser Kampf Hätte Unter Schief Gehen Können Wenn Nicht Gerade Sitzbank Dabei Hätten Ist Euch Das Bewusst Das Sind Sehr Gefährliche Pokémon Und Sie Haben Sehr Starke Angriffe Mit Den Sie Einfach Um Sich Werfen Und Plus 4 KP Halt Halt Ich Für 11 KP Nein Immer Noch Nicht Ganz Und Ein Xatu Das Okay Ich denke Mit Xatu Werden Wir Fertig Und Strom Jetzt wird Irgendwann In 3 oder 4 Runden Geheilt Oder Sowas Oder Ich werde Erstmal Eistrahl Einsetzen Ich denke Allzu Viel Widerstand Sollte Xatu Dagegen Nicht Leisten Können Ja Xatu Schwach Oder Es hatte Zwei Leuchten Rote Nippel Also Mir Ist Zu Spät Auf Gefallen Ich Kann Dich Glauben Wie Stark Du Bist Ich Auch Nicht Ich Werde Erstmal Wieder Ganz Geschmeidig Abhauen Und Mit Gehalten Pokemon Wieder Zurück Kommen Gegen Darüber Wir Auch Schon Gekämpft Hier Hier Kann Ich Nicht Weiter Was ist Der Weg Durch Diese Arena Absolut Keine Ahnung Dann Hier Mal Noch Weiter Nach Oben Dann Hier Auch Gegen Den Haben Wir Noch Nicht Gekämpft Oder Wir Haben Die ganze Der Schnee Störm Von Blizzard Gekämpft Jetzt Wirst Du Sehen Wie Sehr Uns Das Abgeertet Hat Sehr Vermute Ich Einfach Mal Ein Nido King Nido King Ist Erneut Kein guter Gegner Für Nosfer Niederung Naja Wir Versuchen Wir Versuchen Nido King Er hat Doch Keine Guten Angriffe Oh Ist kein Furcht Klar Oh Oh Und Die Präzision Von Nosferatu Lässt Aktuell Auch Sehr Zu Wünschen Übrig Nosferatu Schlägt Sich Nicht Gut Gerade Aber Ich Glaube Ist Einfach Ein Bisschen Schüchtern Und Der Fuchtler Hat Nicht So Viel Schaden Gemacht Wie Man Vielleicht Meinen Würde Sollten Wir Auch Nicht Unterschätzen Es Hat Nicht Mal Die Hälfte Schaden Gemacht Das heißt Wir hätten Versuchen Können nochmal Anzugreifen Ich Wäre Das Ganze Lieber So Versuchen Weil Wesentlich Sicherer Wenn Ich Das Mit dem Strabben Max Mache Aber Dennoch Der Fuchtler Ja Der Macht Nicht Viel Schaden Bist Verwirrt Yes Und Psychokineser Die Eignet Sich Üblicherweise Übrigens Sehr Gut Im Kampf Gegen Gift Pokémon Der Will Ja Bei Mir Noch Was Lernt Über Das Spiel Woher Kommt Deine Stärke Die Kraft Aus dem Inneren Die Macht Der Freundschaft Verstehst Du Hast Du Nichts Von Pokémon Gelernt Ich Denk Wer Schlammer Max Noch Aufheilen Und Dann Versuche Ich Aus Dieser Arena Schlau Zwei Beziehungsweise Rausfinden Wie Ich Hier Weiter Komme Das Ist Nicht Der Richtige Weg Ich Will Hier Jetzt Runter Ich Will Hier Nicht Runter Och Das Ist Doch Nervig Okay Versuchen Wir Hier Oben Links Entlang Gehen Weil Das Hilft Mir Auch Nicht Weiter Das Hilft Mir Weiter Moment Wir gehen Hier Entlang Hier Dahin Dahin Und Dann Darunter Ja Was Dann Rechts Entlang Aber man Kann Die Kaputt Machen Man Kann Die Kaputt Machen Aber man Muss Nur Oh Nein Man Muss Nur Richtig Vorbeirasen Okay Okay Das Ändert Natürlich Alles Pass Auf Hier Hoch Hier Rüber Dann Gehe ich Da Runter Hier Runter Und Dann Rasen Wir Rüber Yeah Was Haltet Ihr Davon Das War Leider Nur Noch Nicht Ganz Hilf Ich Wünschen Würde Es Fehlt Noch Ein Bisschen Was Hier Unter Gehe Dann Landet Man An Der Ecke Kann Ich Jetzt Andere Wege Gehen Oder So Ach Ich mag Das Nicht Ich Weiß Nicht Was Ich Machen Soll Pass Mal Auf Wir Gehen Von Hier Und Dann Hier Rüber Yeah Das Schon Mal Guter Anfang Wenn Ihr Mich Fragt Das heißt Wir müssen Auch Die Da Unten Weg Bekommen Okay Das Eine Weg Zubekommen Ist Einfach Den Was Wollen Mit Den Auf Beide Einfach Weg Zubekommen Okay Moment Pass auf Wir machen Das Wusch Und Dann Mache Ich Das Wusch Ja Das War Nicht So Schwer Das Muss ich Nur Noch Hier Raus Kommen Und Dann Kommen Wir Zu Arena Leiterin Schätze Ich Hoffe Ich Will Ich Ich Weiß Nicht Ich Weiß Nicht Ob Ich Zu Ihr Hingen Aber Wir Sollten Zu Ihr Hingen Können Okay Los geht's Du Möchtest Friede Herausforder Sicher Ich Warte Schon Lange Auf Einen Starken Trainer Wie Dich Ich Muss Dich Warnen Ich Bin Stark Denn Ich Weiß Mich Zu Konzentrieren Pokémon Mode Romanzen Alles Eine Frage Der Konzentration Zeige Dir Am Best Was Ich Damit Meine Mach Dich Bereit Zu Verlieren Es ist Landen Artisan Landen Oh Mein Gott Es Ist Unglaublich Es Ist Unglaublich Was Für Eine Turnupto Dichte Wir In Dieser Challenge Haben Also Wirklich Das Einzige Gute Ist Dass Sitzbank Ein Ziemlich Guter Konter Für Die Turnuptos Ist Ansonsten Hätten Wir Ein Problem Surfer Ich hoffe Wir Wollen Dass Sitzbank Nicht Anfängt Zu Brennen Wenn Sitzbank Anfängt Zu Brennen Haben Wir Ein Problem Generell Macht Das Tonto Gerade Mehr Schaden Als Ich Wünschen Würde Gönn Ihr Doch Direkt Meine Heilung Für Das Turnupto Wie wärs Damit Wärs Nicht Fantastisch Zurückgerufen So ein Flora Okay Das Ist Ziemlich Fantastisch Dass Eins Der Starken Pokémon Von Friedan So ein Flora Ist Denn Zum Einen So ein Flora Bekanntermaßen Wahrscheinlich Das Schwächste Vollentwickelte Pokémon Und Zum Anderen Bekommt Nosferatu Dadurch Die Können Auch Bohre Einsetzen Aber Näh Näh Wem ist Dass Nosferatu Unser Mann Für Diesen Job Ist Au Äh Au Ich hätte Mir Gewünscht Dass Das Weniger Schaden Machen Würde Ehrlich Gesagt Jetzt Habe ich Bisschen Angst Was Als nächstes Passiert Deswegen Wir Machen Das Erstmal So Sonnentag Das Gefällt mir Überhaupt Nicht Gemessen An Dass Sie Eventuell Nochmal Tornupto Einsetzen Und Das Tornupto Eventuell Aufheilt Das Nochmal Das ist Nicht der Blättersturm Das ist Blättertanz Der Ja der Ist Generell Nicht So Stark Okay Diese Sonnenflora Hat mich Absolut Überrascht Was Deine Kampfkraft Angeht Ich Kann Es Nicht Anders Sagen Ich Das Wird Absolut Schwach Aber Mein Gott Und Amosverator Schauen Das ist auch Ein kräftiger Flug Den du An den Tag Gelegt Hast Yes Es will Ich Auch Hoffen Leiste Sonnenlicht Gefährlich Aber Wir Willkommen Das Unter Kontrolle Tornupto Wird Eingesetzt Ich Sollte Stellen Das Tornupto Sein Also So Gott Versuchen Wir Es Gute Sache Ist Dass Wir Ein Bisschen Zeit Schinden Durchfliegen Ich Glaube Sonntag Sollte Noch Nicht Ganz Abgeklungen Sein Gleich Oh Gott Eventuell Wird Es Das Ende Von Nos Verrat Sein Eventuell Wird Es Direkt Sein Ende Sonnenlicht Hat Nach Gelassen Okay Oh Mein Gott War Es Warte War Es Als Ich In Luft War Spontan Schneller Als Ich Ja Es Ist Teilweise Irgendwie Schneller Als Okay Oh Mein Gott Ich Hatt Ein Bisschen Angst Da Ist Der Flammen Sturm Dachte Ich Mir Doch Dass Wir Den Noch Sehen Werden Was Das 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 Ist Einfach Nur Lächerlich Das Ist Einfach Nur Lächerlich Mehr Mehr Kann Ich Dazu Nicht Sagen Ich Kann Schlicht Ergreifend Nicht Mehr Dazu Sagen Tornupto Erhöht Seinen Spezialangriff Wenn Einigler Einsetzt So Es war Doch Gegen Sitzbank Vorhin Auch Schon So Stärk Ich Bin Gerade So Verwirrt Was ist Mit Diesem Einigler Erhöht Erhöht Den Spezialangriff Einigler Erhöht Doch Die Verteidigung Nicht Den Angriff Warum Ist Es Gefühlt So viel Stärker Oh Gott Anferno Feuer Und Kampf Damit Sind Alle Puffmann Die Ich Habe Überfordert Wir Machen Hypertrank Auf Sitzbank Und Schauen Wie Panferno Reagiert Es Sollte Mich Auf Jeden Fall Nicht One Shotten Können Richtig Nahkampf Ist Gut Das Senkt Angriff Das Senkt Den Angriff Was Nein Es Nicht Die Verteidigung Spezial Verteidigung Okay Es Wird Noch Mal Nahkampf Einsetzen Wir Müssen Auf Strammer Max Wechseln Ich Will Andere Möglichkeit Oh Okay Flammenrad Das War Weniger Als Die Hälfte Was Was Machen Ich Jetzt Am Best Ähm Ähm Wir Besuchen Erdbeben Oh mein Gott Es macht Nahkampf Oh Gott Das ist gut Glaube ich Schaden Mit Nahkampf Machen Oh mein Gott Aber Erdbeben Könnte One Shot Sein An dem Punkt Lass Erdbeben One Shot Sein An dem Punkt Sonst Sonst Haben wir Problem Oh mein Gott Oh mein Gott Okay 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 Oh Oh mein Gott Nein Ein schicksalhafter Kampf Ich werde das Eisbreche Und mein Notfall Pokémon Einsetzen Das sehe ich Und ich kann Versichern Ich habe Große Angst Vor diesem Notfall Pokémon Denn Stramamax Das einzige Pokémon Was gegen Milotek Kämpfen Kann Alle anderen Werden Nichts Ausrichten Können Denn sie Haben Die Wasserschwäche Oder Sind Fast Tot Nass Schweif Macht Nicht So Viel Schaden Aber Versuchen Wir Es Mit Der Eisen Gott Dagegen Bring Der Eisen Abwehr Nichts Was mache Ich Jetzt Ich Denke Es Zeit Flauschi Zu Opfern Tut mir Leid Flauschi Es Tut mir Leid Ich Wollte Nicht Dass Es Wollte Nicht Dass Es So Kommt Aber Ich Weiß Nicht Was Ich Machen Soll Ich Hab Wirklich Angst Vor Diesem Gegner Tut mir Leid Flausch Ist Rundfunk Tripper Oh Gott Das war Ein Hochdruck Reiniger Schnellblein Du hast Eine Menge Verteidigung Zeigt Das Hier Für Was Gutes Okay Jetzt Dann Noch Zwei Hydro Pumpen Übrig Oh Mein Gott Das Macht So Viel Schaden Natürlich Natürlich Dass Die Weitere Hydro Pumpe So Tödlich Sein Wird Aber Hoffen Das Es Zurückschreckt Von Steinhage Es Schreckt Zurück Das Ist Gut Das Macht Viel Zu Wenig Schaden Das Ist Schlecht Ähm Einwander Greif Senkt Eventuell Genauigkeit Okay Hoffen Wir Dass Schlamm Bumpe Trifft Dass Die Genauigkeit Gesenkt Wird Oh Mein Gott Das Macht So Wenig Schaden Genauigkeit Wird Gesenkt Und Die Hydro Pumpe Trifft Und Ähm Tut mir leid Bora Ich glaube Du musst Du musst Ein Opfer Ähm Erbringen Für das Wohl Des Rests Senkt Die Verteidigung Yes Hydro Pumpe Geht Daneben Senkt Nochmal Verteidigung Oh Mein Gott Yes Liebreiz Geht Daneben Kann Den Sieges Will Spüren Ich Werde Nicht Verlieren Ich Werde Nicht Verlieren Top Genesung Ist Katastrophal Aber Die Verteidigung Senkt 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 Sie Nochmal Sie Singt Nicht Nochmal Knirscher Nicht Aufhören Knirscher Einzusetzen Oh Gott Das ist So Gefährlich Aber Bora Ist Schneller Nein Bora Ist Langsamer Was Sag Ich Da Folgende Sache Wir werden Andere Ich Hab Nichts Was Meine Verteidigung Erhöht Für Nur Dinge Die Meinen Angriff Erhöhen Oh Mein Gott So Liebheits So Gut Oh Mein Gott Oh Mein Gott Oh Mein Gott Oh Gott Oh Gott Gott Oh Du bist Klasse Du hast Respekt Verdient Die Konzentration Deine Willen Stärke Haben Uns Alle Überrollt Oh Mein Gott Mein Herz Wir Haben Es Überstanden Das 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 ist Ein Firmorden Dann Geben Kannst Du Jetzt Auch Krax Laus Habe Des Kampfes Einsetzen Das Habe ich Auch Noch Für Dich Wir Haben Zu Ein Fiz Er Attacke Wirbelwind Wirbelwind Bringen Wir Nichts Oh Mein Gott Oh Mein Gott Oh Dieser Kampf War So Übel Wen Haben Wir Verloren Was Verrat Du Ja Ich habe Dich Hast Heute Trainiert Es Tut Mir Leid Ich Ich Hattet Nettes Potenzial Aber Ich Mein Hattest So Auch Der Flammensturm War Stark Max Ich bin So Dankbar Dass Du Noch Lebst Schnellblein Schnellblein Ich Wollte Es So Sehr Geschehen Lassen Dass Wir Beide Als Team Miteinander Kämpfen Können Aber Diese Minute Es Lernen Es Tut Mir Auch Dafür Leid Und Hier Ist Unser Team Wir Haben noch Lapras Metacross Und der Heatran Damit Ich Strabamax Sitzbank Und Der Bora Sie Sind Noch Zurück Äh Sie Sind Noch Übrig Sonst Noch Alles Wir Haben Bald Im Friedhof Mehr Pokémon Als Da Drüben Aber Ich Hab gesagt Will Ich Räume Ins Team Nehmen Ich Weiß Nicht Ich Würde Glaube Ich Fast Einfach Mal Ein paar Pokémon Trainieren Um zu Schauen Was Sie werden Und Ja Ein paar Pokémon Trainieren Schauen Was Sie Werden Und Dann Schauen Was Wir Ins Team Nehmen Wollen Ehrlich Gesagt Aber Aktuell Würde Ich Sagen Ich Bin Ich Will Nicht Sagen Doch Ich Bin Zufrieden Ehrlich Gesagt Diese Milotik Ist Einfach So Gefährlicher Gegner Und Ich hatte Nichts Was Gegen Das Milotik Auch Nur Halbwegs Okay Was Machen Kann Geschweige Denn Das Panferno Das Man Einfach Dieses Frieda Hatte Einfach Alle Pokémon Gegen Welche Meine Pokémon Nichts Machen Können Und Es War Absolut Beängstigend Aber Wir Haben Gewonnen Das Bedeutet Wir Können An Den Weiteren Tag Leben Und Ich Darf Noch mehr Pokémon Trainieren Gut Dann Wird Sagen Wie Das Ganze Weiter Geht Sehen Wir Am Nächstes Mal Vielen Dank Fürs Zuschauen Und Gute Nacht Oh Mein Gott Hallo Und Willkommen Zurück Zu Pokémon Platin Randomizer Nassok Challenge Beim Letzten Mal Sind Pokémon Gestorben Heute Ich Soll Wahrscheinlich Was Trainieren Ich Wollte Auch Alles Vorbereit Zum Trainieren Wie sich herausstellt Sind Leute Nur Sehr Sagen Wir Toxisch Gegenüber Dessen Dass Die Videos Nicht Kamen Dementsprechend Machen wir Das Einfach So Ich Hab Absolut Keine Ahnung Was Ich Ins Team Nehmen Kann Das Meiste Davon Ist Relativ Nutzlos Ich Schätze Ich Werd Petra Epithaler Geben Wir werden Sehen Was Passiert Wo Müsse Wir Auf Das Nächste Szen Gehen Ich Hab Absolut Keine Ahnung Wir Sind So Lange Unterwegs Wir Werden Räume Ins Team Nehmen Denn Komm Schon Wollt Nicht Wirklich Ähm Was Könnte Ich Ihnen Am Besten Geben Von Welchem Item Ich Denke Piker Ist Ein Klassisches Item Welches Von Segesang Profitieren Sollte Und Soll Kann Ich Im Zeitenlärm Beibringen Kann Ich Dem Raum Pokémon Den Zeitenlärm Beibringen Denn Ich Habe Das Gefühl Der wäre Ziemlich Stark Wenn Ich Das Könnte Unter Umständen Lass Mich Kurz Nach Schauen Komm Schauen Oh Es Kann Zeitenlärm Lernen Okay Okay Schauen wir uns das Ganze an Die Masse Werde Ich Jemals Einsetzen Dementsprechend Bringen wir Zeitenlärm Bei Und Ich Denke Damit Sollte Räume Soweit Ziemlich Unterwegs Sein Das Problem Ist Nur Ich Soll Es Wahrscheinlich Noch Irgendwo Trainieren Ich Bin Mir Aber Absolut Nicht Sicher Wo Ich Glaub Sonst Haben Wir Alles Wo Muss Ich Hingehen Oh Wir Dachten Wir Ein See Gesucht Und Dafür Kann Ich Kraxler Einsetzen Ja Ich Denke Wir Brauchen Noch ein Pokémon Das Kraxler Lernen Kann Und Eins Das Kraxler Lernen Will Im Idealfall Vielleicht Werden Wir Doch Krabums Ins Team Nehmen Was War Das Krabum Bist Du Ein Kraxler Pokémon Krabum Bist Kraxler Pokémon Ich Denke Soll Es Okay Machen Wenn Wir Sowieso Noch Ein paar VMs Brauchen Dementsprechend Sollte Das Hinhauen Es Gibt So Viele Terms In diesem Spiel Und Sie Wurden Durch Den Randomizer All Relativ Mittelmäßig Was Fantastisch Ist Für Krabum Ist Kraxler Ansichtlich Mal Ein Verkehrter Angriff Das Heißt Wenn Wir Vorhaben Krabum Im Team Zu Lassen Soll Wir Auf Jeden Fall Kraxler Beibehalten Ehrlich Gesagt Ich Mache 90er Angriff Auch Wenn Die Treffer Quote Natürlich Überschaubas Mit 85 Aber 90 Schadens Punkte Komm Schon Normal Ist Natürlich Trotzdem Ungünstiger Typ Aber Mit Step Ist Das Schwer In Ordnung So Ähm Wo Wir Müssen Zu Dem See Der War Hier Links Von Hier Konnte Ich Irgendwie Kraxler Nach Oben Einsetzen Frage Ist Wichtig Gegen Wildes Pokémon Kämpfen Oder Äh Wie will ich Räumen Am besten Trainieren Ich hab Absolut Keine Ahnung Lass mich mal Hier ein bisschen Hochklettern Gleiten wir mal Nach oben Dann werden wir Weitersehen Nebebeere Schön Ganz langsam Aber Sicher Äh Ich denke Ich will In den See Mal schauen Oh Damit Kommt ihr Nicht Davon Team Galactic Oh Bist Du Schon Fertig Deine Pokémon Sind Gar Nicht Mal So Übel Aber Du Bist Lächerlich Schwach So Ernsthaft Gedacht Du Könntest Das Pokémon Im See Retten Der Pokémon Champ Werden To Weiter Kindchen Aber Hier Ist Recht Kalt Gehen wir Zurück zum Hauptquartier In Schleiede Oh ja Hauptquartier Ist die Sache Da waren wir Gar nicht wirklich Drinnen Fällt mir Gerade Auf Oh Ich kenne Ich Doch Wir haben uns In Eben Genau Getroffen Hör mal Team Galactic Hat etwas Großes Vor Zum Wohle Aller Der Solltest uns In Ruhe lassen Hör auf Über Pokémon Und And andere Nebensächlichkeiten Zu jammern Verschwende Deine Zeit Nicht Damit Ins Hauptquartier Nach Schleiede Zu Gehen Wenn Du Mich Entschuldigen Würdest Okay Nicht Ins Hauptquartier Nach Schleiede Ja Ja Ich Weiß Ich Konnte Nichts Gegen Team Galactic Ausrichten Das Pokémon Namens Selve Es Macht An Den Leidenden Eindruck Ich Werde Stärker Es Geht Nicht Um Gewinnen Oder Verlieren Es Reicht Ich Stärker Werden Es Reicht Dich Einfach Der beste Trainer Aller Zeiten Seien Zu Wollen Man Muss Nicht Anstrengend Und Entschlossen Sein Ich Denke Ich Kann Den Pokémon Fangern Ich 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 Vielleicht Können Wir Sogar Reingehen Und Uns Selve Anschauen Ich Glaube Die Sollte Erst Nach Die Top 4 Auftauchen Wir Werden Sehen Oh Gott Nein 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 Es Wirklich Wirklich Stark Aber Ich Lass Dich Auch Gern Eines Besseren Belehrten Ich Denke Ich Wurde So Eben Eines Besseren Belehrt Ehrlich Gesagt Der Schleimhaufen Ist Zurück Es Wurde Geboren Als Schlamf Von Den Strahlen Des Mondes Getroffen Wurden Es Erscheint Wohndrat Es Ah Ja Sleim Hat Ja Auch So Lowkey Alien Backstory Was Bedenklich Ist Ich Würde Es Natürlich Gern Trash Nennen Aber Es Ist Kein Trash Es Ist Ganz Klar Ein Komplet Eigenständiges Pokémon Welches Für Sich Steht Und Ich Nenne Es Einfach Mal Schleimi Okay Schleimi Wurde Box 1 Übertragen Mal Schauen Wird Trainieren Werden Ich Habe Keine Ahnung Bin Mir Nicht 100% Sicher Stärke Grotte Gibt Es Ja Wilde Pokémon Außer Diesen Einen Serien Aus Space Invaders Sagen wir Das Alien Aus Space Invaders So Ist Das Spiel Ich Verwächst Es Vom Name Nur Immer Ich Denke Es Gibt Hier Kein Wilde Encounter Okay Ich Hab Nichts Was Fliegen Kann Oh Mein Gott Ich Hab Nichts Was Fliegen Kann Oh Gott Ich Glaube Ich Hab Auch Ich Glaube Ich Hab Auch Auf Der Bank Nichts Was Fliegen Kann Oh Nein Äh Räumer Mach mal Angriff Machen Zeiten Lärm Ich hoffe Das Reicht Um Slimer Zu Besiegen Das War Ein Hervorragender Angriff Räumer Und Das War Ein Hervorragend Wenig Erfahrungspunkte Das Gefühl Räumer Zu Trainieren Könnte Ein Bisschen Dauern Aber Dafür Ist Es Relativ Stark Ich Denke Wenn Ich Ich Denke Ich Werd Zurück Gehen Ich Werd Schauen Ob Im pc Was Hab Ich Glaube Ich Habe Kein Punkt Man Es Fliegen Kann Und Dann werde Ich Einfach Zurück Laufen Es Sieht Nicht So Aus Ob Ich Jemand Hätte Der Fliegen Kann Lass Mich Schauen Ob Ich Noch Top Schutz Kaufen Kann Sollte Noch Ein Paar Dabeihaben Aber Das Sind Mehr Als Genug Aber Oh Gott Wenn Langer Rückweg Der Mir Vorsteht Ich Denke Ich Werde Aber Räumer Direkt Das Glücksei Geben Damit Zwingst Noch Ein Paar Fahrungspunkte Mit Nehmen Kann Vielleicht Sollte Ich Den Schutz Gar Nicht Einsetzen Mal Schauen Kann Ich Mit dem Schiff Zurück Fahren Ein Großer Trailer Der Von Der Pokémon Liga Anerkannt Wird Ich Warte Schon Lange Auf Einen Trailer Den Ich Hinaus Fahren Darf Nein Der Fährt Dann Zu Dieser Ein Insel Die Eine Insel Da Wird Man Hingefahren Und Jetzt Steht Mir Der Weiteste Rückweg Aller Zeiten Bevor Ich Habe Kein Pok Man Da Stärke Kann Oh Mein Gott Ich Denke Ich Werde Oh Gott Was So Anamica Bum Stärke Beibringern Und Ich Hoffe Ich Komm Ungefähr In der Gegend Bei Schleide Raus Das Sollte Ich Aber Ich Hab Keine Ahnung Meine Geistige Karte Von Gebiet Ist Wirklich Nicht Allzu Gut Route 211 Ist Sie In der Nähe Von Schleide Zufälliger Weise Elysas Schleide Ist Da Drüben Ich meine Es ist Mehr oder Weniger In der Nähe Ehr Weniger Aber Okay Ich bin Da Ah Ich denke Ich werde Schnell Zum Pokémon Center Gehen Oh Da Kann Ich Hoch Kaxeln Und Dann Schauen Was Team Galactic So Alles Treibt In Dieser Basis Ein Premier Ball Das Ist Auf jeden Fall Ziemlich Hilfreich Ziemlich Cool Okay Also Die Eine Von Team Galactic Meinte Team Galactic Team Plus Ich sollte Nicht In die Basis Gehen Dementsprechend Ich Mein Was Sollten Wir Sonst Tun Hallo Willkommen Das Team Galactic Hauptquartier Aus Team Galactic Gebäude Energie Für Alle Okay Ah Ich denke Ich kann Hier oben Nicht Wirklich Was Machen Konnte Ich Aber Unten Vielleicht Irgendwas Mit Stärke Verschieben Oder Sowas Ich denke Ich will Einen Anderen Weg Gehen Sieh Mal Stell Mal Die Antennen An Ich Weiß Ja Nicht Wofür Die Gut Sind Sie Schon Beeindruckend Hey Du Bist Es Ich Werte Irrscht Nicht An Mich Aber Ich Erinnere Mich An Dich Deswegen Haben Sie Mir Mein Pipi Weggenommen Oh Nein Mein Partner Aufgeben Und Ist Nach Hause Gangen Da Ich Weiß Nichts Und Ich Weiß Nichts Von Diesem L Schlüssel Zum Lager Habe Ich Hier Bei Mir Uns Ist Ein Frontalangriff Unmöglich Aber Dank Meines Genies Erlangen Wir Doch In Ihr Versteck Du Kommst Noch Mit Infiltrieren Wir Es Wie Zwei Richtige Geheimagenten Ich Jetzt Kann Warten Geht Es Nicht Ganz Aufgeregt Aber Ein Bisschen Sehr Gut Wir Sehen Im Lager Dem Galaktik Wieder Bereite Dich Gut Vor Bald Stoße Ich Zu Okay Okay Dann Ich Bin So Gut Vorbereitet Wie Es Mir Zeitlich Und Motivationstechnisch Möglich War Also Überhaupt Nicht Dementsprechend Marschieren Wir Los Und Sehen Wie Es Laufen Wird Ah Hallo Ich Habe Auf Mich Warten Lassen Diesen Eltschlüssel Den Ich Mit Den Unendlichen Talent Team Galaktik Abluchste Setze Ich Nun Ein Kaplonk Ja Und Tür Und Tor Stehen Uns Offen Die Jugend Lass Dem Alter Doch Nicht Doch Den Vortritt Dann Breche Ich Jetzt Auf Bring Dich Nicht In Gefahr Darunter Ja Genau Okay Oh Cool Glücksei Was ist das Das dritte Das ist das dritte Das dritte Glücksei Das ist ein glücklicher Run Wollen die Forscher Kämpfen Team Galaktik Wird alle Pokémon Befreit Alle die es Gibt Und dann Wird Da jetzt Team Galaktik Gehören Wollen alle Pokémon Befreit Das ist nicht mehr Die Team Plasma Motivation Aber Schauen wir Auf Team Galaktik Zu passen Was haben wir denn hier Einen Trainer Der sich verlaufen hat Ganz recht Einen Trainer Der sich verlaufen hat Was ist der Einen Scaraborn Das ist Ungünstig Muss ich ehrlich Gestehen Damage Technisch Wir haben nicht wirklich Was das gegen Scaraborn gut ist Aber ich hoffe Einfach mal Dass Strammer Max Sich okay Schlagen wird Denke ich Hoffe ich Ich weiß es nicht Oh Bodycheck Mein dagegen Hätte wahrscheinlich Auch einfach Reimer kämpfen können Aber gut Psychokinese Ich denke Er sollte Akzeptablen Schaden Bei Scaraborn Machen Oder hat es Eine überdurchschnittlich Gute Spezialverteidigung Hat es Natürlich Nicht Reimer Reicht Level 34 Und Level 41 Für Straber Max Angriff Yes Angriff Plus 3 Irgendwann wird Schauen Max Noch Angriff Lernen Ihr werdet es Sehen Irgendwann Kommt der Sternenheep Und dann Werd ihr Sagen Was Der Sternenheep Ich hatte Absolut Keine Ahnung Ich werde Ja Ja Ganz Recht Ich könnte Nachschauen Was Er lernt Aber Es sind Die ganzen Nerven Kitzel Raus Hier Brauche Ich Einen Speziellen Schlüssel Okay Gehen wir Weiter Hallo Team Galaktik Okay Wir haben Einen Trainer Einen Pokéball Der Rosa Brief Den Habe ich mir So sehr Gewünscht Ziemlich Cooler Effekt Wie das Ganze Ein bisschen Dunkler Wird Damit Meine Ich Ist Jetzt Nicht So Cool Aber Grafisch Effekt Man Nicht Auf Deswegen Man Sie Was Dunkler Wird Man Denkt Sich Oh Das Ist Äußerst Interessant Ich Hätte Keine Ahnung Dass Ihr So Was Machen Könnt Flunk Kiefer Das Ist Ein Klassischer Gegner Mit dem Räumer Ohne Probleme Fertig Werden Sollte Das Hat Nicht Mal Bedroher Mittelmäßig Interessant Ich Sollte Aquawelle Von Räumer Dringend Durch Surfer Setzen Wenn ich Gerade Darüber Nachdenke Surfer Wäre Bei einem Spezialangreifer Wie Räumer Nicht Der Verkehrteste Angriff Den Aquabelle Ist Okay Aber Surfer Ist Definitiv Besser Oh Nusser Flunk Kiefer Es Gibt Auch Echt Nicht Viel Erfahrungspunkte Ninjask Oh Es Ist Ninjask Okay Ich Dage Kurz Für Kader Ich Glaub Ich Glaub Unser Run Ist Gelaufen Aber Ninjask Ist Okay Damit Werden Wir Soweit Fertig Auch Wenn Es Natürlich Auf Level 40 Ist Aber Es Ist Ein Käfer Poké Und Käfer Poké Zu Der Zeit War Nicht Für Ihre Stärke Bekannt Ja 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 Ich Werde Aber Deswegen Nicht Zu Übermütig Oh Meinst Mich Ich Soll Nicht Übermütig Werden Wir Werden Sehen Habe Ich Noch Irgendwelche Billig Heilung Die Ich Verwenden Kann Ich Glaube Ich Muss Heilung Kaufen Gehen 30 Hyper Tränker Ich Habe Nicht Ganz Auf Gepas Ich Bemitleid Das Team Galactic Aber Ich Habe Nicht Ein Pokémon Ich Bin So Ein Armer Rüpel Das Ist Bumadame Ist Ein Entsätzlich Schwaches Pokémon Oh Ich Wollte Räume Noch In Ich Sollte Im Surfer Beibringen Dann Machen Wir Drachen Glaube Einfach Ich Denke Es Sollte Von Typ Käfer Und Pflanze Sein Wobei Gestein Soll Darauf Sehr Effektiv Sein Das So Ein Volltreffer Der Dreschpflege Könnte Fast 15 Kp Schaden Machen Oh Mein Gott Dieser Dreschpflege Mal so viel Stärker Als ich Mir Erhofft Hatte Und 2049 Erfahrungs Äh 94 Verzeihung Alle Stats Plus 3 Das Will Ich Auch Hoffen Ein C Aber Kleiner Trainer Bist Du Hey 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 Ich Weiß Nicht Ganz Was Mein C Hetz Grad Mit dem Ganzen Zu Tun Hat Ehrlich Gesagt Versuch mal Links Aber das wird Das wird So Nervig Das wird So Nervig Mal schauen Das könnte Der richtige Weg gewesen Sein Unter Umständen Ich bin sehr Kurz Vor der Beförderung Zum Commander Ich werde Den Boss Beeindrucken Und dich Zu Meiner Trophäe Machen Das werden Wir Ja Sehen Das Werden Wir Ja Sehen Sehr Schlechte Erinnerung Mit Diesem Pokémon Mal Schauen Wie viel Schaden Drachen Klaue Machen Wird Ich Weiß Nur Zwei Level Über Räumer Sollte Hinhauen Ich Fürchte Amnesie Wird Dich Nicht Retten Weil Lord Ich Fürchte Spezial Verteidigung Ist Für Den Kampf Den Wir Gerade Kämpfen Nicht Von Belangen Ja Das Will ich Auch Hoffen Dass Das So Geklappt Hat Will Glück sein Bekommt Einfach So Viel Erfahrung Punkte Ich Hab Räumer Erinnern Von Kürzester Zeit Auf Dem Gleich Level Wie Meine anderen Pokémon Und Dann Keine Ahnung Was Mit Den Anderen Machen Werde Weiß Vielleicht Ob ich Über Vier Pokémon Noch Gehen Will An Dem Punkt Ehrlich Gesagt Wir Werden Sehen Äh Dragenklaue Oh Das War Belifass Ich Weiß Ich Weiß Nicht Ganz Wie Er Mit Diesen Pokémon Zum Äh Fass Zum Commander Befördert Werden Konnte Aber Nichts Wege Mehr Ferne Als Die Internen Strukturen Von Team Galactic Zu Kritisieren Oh Das Erklärt Einiges Ich Hab Den Surfer Bring ihm Doch Surfer Bei Ich hab Den Surfer Schon Wieder Vergessen Gott Au Ich Liebe Den Sound Effekt Und Die Merzion Von Duplex Sie Ist Einfach Nur Geslapped Au Es Machen Die Viel Schaden Aber Wir Wissen Ganz Klar Was Die Message Dahinter Ist Die Ist Dass Ich Mich Schämen Sollte Für Die Taktiken Die Ich In Diesem Kampf Anwende Und Das War Pixie Und Es Reicht Bald Level 37 Ich Wünschte Dies Wäre Nie Geschehen Das Sagen Erstaunlich Viele Leute Die Gegen Mich Im Kampf Verlieren Muss Ich Ja Eigentlich Gesagt Gestehen Surfer Ja Gude Alte Surfer Wird Räuber Überhaupt Noch Andere Wasser Angriffe Lernen Die Von Belangen Sind Ich Kann Mir Vorstellen Dass Es Noch Es Sehr Wahrscheinlich Nass Vielleicht Und Hydro Pumpe Aber An sich Weiß Gern Ich Ob es Überhaupt So viele Wasserangriffe Gibt Die An dem Punkt Für Räuber Wirklich Von Belangen Sein Könnten Vor allem Stärker Als Surfer Ich Glaube Wir Nicht Allzu Viele Nehmen Nehmen Wir Den Teleporter Der Hat Hat Nichts Im Item Da Unten Gebracht Wie Ich Es Mir Gewünscht Hätte Das War Leider Abzusehen Hallo Ein Ein Item Zum Tragen Dessen Magnetische Kraft Attacken Typ Elektro Verstärkt Oh Wir haben Glaublich Null Elektro Pokémon In dieser Nasen Loch Gefunden Kann Das Sein Eigentlich Könnte Elektro Pokémon Ganz cool Sein Aber Irgendwie Ist Aktuell Keins Vergönnt Als Wenn Du Zu Der Ansprache Von Meister Cyrus Möchtest Wo war Das Gleich Musst Ins Gebäude Von Team Galactic In Schleide So viel Weiß Ich Noch Geh Einfach Durch Die Türen Neben Der Anmeldung So War Es Doch Oder Agilität Agilität Bringt Uns Nichts Vielleicht Hat Den Schlüssel Aber Zufälliger Weise Hier Verloren Der Geh Schlüssel Oh Ich Bin Okay Wir Sind Hier Wahrscheinlich Ich Am Eingang Durch Aber Ich Würde Fast Sagen Ich Könnte Mich Noch Hier Weiter Umschauen Denn Sollte Auf Und Wir Müssten Das Zeug Natürlich Mitnehmen Vor allem Ich Die Befürchtung Beziehungsweise Ich Hab Die Hoffnung Dass Hier Noch Ein Zwei Trainer Sein Werden Und Die Haben Eventuell Einen Oder Erfahrung Punkt Für mich Also Wo Kam Ich Da Von Oben Ich Hab Von Hier Unten Dann Ich Zum Teleport Nachdem Ich Den Trainer gemacht Wir Waren Also Nicht Hier Oben Richtig Schloss Der Turnkart Somit Einen Speziellen Schlüssel Öffnen Wenn Ich Ein Lustiger Böse Ein Lustiger Böse Wicht Wäre Will Ich Dir Verraten Aber Ich Bin Nicht Lustig Leider Ehrlich Gesagt Würde Ich Lustige Böse Wichte Bevorzugen Aber Ich Schätze Man Kann Nicht Alles Haben Oh Ich Bin Kein Fan Von Diesen Pokémon Hier Räumer Ich hoffe Du hast Einen Mächtigen Surfer Auflager Denn Den Werden Wir Benötigen Um Diesen Brocken Zu Versenken Bevor Er Sich Selbst In Luft Sprengt Aber Surfer Sollte Ohne Probleme Ausreichen Ja Das Das War Nicht Mal Knapp Räumer Ist Ein Bisschen Zu Stark Aber Ihr Meint Ich Kann In Team Nehmen Gehen Mal Weiter Das Ich hoffe Du hast Einen Starken Surfer Surfer Müsst Übrigens Wesentlich Mehr Schaden Machen Als Antikrap Fürs Protokoll Glaube Ich Oh Mein Gott Das Ist So Stark Oh Ist Ein Feuersturm Oh Der Wäre Gefährlich Für Die Anderen Pokémon Oh Mein Gott Er Zick Hat Schaden Gemacht Es Ist Zeit Den Vogel Absaufen Zu Lassen Es Hat So Wenig Schaden Gemacht Und Level 80 Wir Sind So Gut Wie An Der 40 Dann Kann Ich Auch Das Glück Seil Weg Machen Au Sag Garnabiss Ich Fürchte Es Ist Ein Moment Für Mich Um Kurz Aus Zu Wechseln Wär So Oder Gegner Für Sag Garnabiss Ich Sage Der Strabbe Max Wird Das Regeln Sag Garnabiss Macht Wasserring Das Ist Okay Ich Denke Zu Viele Einungen Wirst Im Endeffekt Nicht Wirklich Rein Bekommen Können Und Wie viel Schaden Macht Erdbeben Erdbeben Macht Absolut Ausreichend Viel Schaden Äh Nicht Ganz Ähm Ich meine Wenn wir Schon mal Zeit übrig Haben Weil ich Sowieso Schneller Bin Können Wir Auch Eine Eisen Abwehr Uns Kurz Gönnen Und Damit Durch Taucher Essentiell Gar Kein Schaden Nehmen Yep Das Ist Das War Der Geruch Meines Pokémon Dein Faules Pokémon Stinkt Und Hat Verloren Äh Hypertrag Oh Also ich Sollte Ich Räuber Natürlich Zurück Ziehen Aber Wir Geben ihm Lavakeks Ein Lavakeks Heilt Jede Verbrennung Glaub Mir Einfach Das Ist Ein altes Hausmittel Das Man Vulkangegenden Verwendet Speziellen Schlüssel In Gehschlüssel Verwenden Oh Ich Kann Hier Rein Oh Thema 30 Aussetzer Ich Vermute Im Originalspiel Liegt Hier Der Meisterball Wenn Ich Mal So Raten Müsste Ich Glaube Es Gibt Trotzdem Noch Ein Item Das Ich Mitnehmen Könnte Ähm Das War Da Unten Seht Das Ja Wie Muss ich Da noch Rankommen Wir Können Auf Einfach Äh Auch Einfach Mal Den Teleport Jetzt Gleich Auf Der Rechten Seite Verwenden Den Habe Ich Nicht So Ganz Mitgenommen Und Ich Glaub Dann Sehen Wir Mit Dem Teil Der Basis Weit Fertig Ehrlich gesagt Sollte Nicht mehr Allzu Viel Ansonsten Zu Sehen geben Kraft Reserve Die Wär Wahrscheinlich Für Schnellblein Ganz gut gewesen Aber Vielleicht Kann Ich Auch Einfach Über Den Anderen Weg Zum Item Was Wir Noch Gesehen Haben Denn Ich Denke Wir Sind An Dem Punkt Jeden Weg Gegangen Ehrlich Gesagt Das Heißt Wir Verziehen Uns Erstmal Ich Sind Das Ist So Ein Dummes Pokemon Dem Entsprechend Ich Poké Ich Trainieren Will Vorbereitet Soll Sie Nur Ein Level Abbrauchen Bis Sie sich Entwickeln Und Wir werden Sehen Zu Was werden Wir Zappel Phil Schleimi Und Petra Oh Ja Wegen Löwenzahn Genau Ich Erinnere Mich Und Ja Wir Werden Ihnen Noch Ein Level Abgeben Und Dann Werden Sie Sich Entwickeln Und Wir Werden Sehen Zu Was Sie Werden Und Fürs Protokoll Ja Das Hat Sehr Lange Gedauert Und Mir Ist Während Ich Trainiert Hab Was Interessantes Passiert Und Ich Hab Gegen Ein Drifflon Gekämpft Mit Schleimi Und Ich Wollte Dagegen Kämpfen Weil Schleimi Hat Den Angriff Schleuder Ja Ich Inzwischen Verlernt Ja Es Kann Kein Schleuder Mehr Es Kurz Schein gemacht Danach Könnte Ich Mal Einsetzen Und Wie Ich Raus Gefunden Hab Schleuder Sein Item Nicht Nur Für Den Kampf Sondern Für Immer Das heißt Wir Nur Noch Zwei Glückseier Eins Habe ich Unter Umständen Weggeschleudert Das War Nicht Ganz Meine Absicht Aber Okay Das Manchmal Das Leben Schätze Und Quapo Level 20 Wisst ihr Was Gott Es Gerade So Ungewohn Spiel Ich Hab Oh Mein Gott Versuchen Wir Stärke Ansonsten Haben Meine Pokémon Soweit Nicht Würdige Interessante Anriffe Gelernt Oder So Zappel Vielleicht Schlitzer Gelernt Ich Habe Stärke Beigebracht Aber Das War Soweit Im Großen Ganzen Das Glückseit Trägt Sollte Es Aber Relativ Akzeptabel Viele Erfahrungs Punkte Von Quapo Bekommen Wahrscheinlich Ich Trotzdem Ein Zwei Campe Hier Brauche Aber Das Ist Vollkommen Im team Kämpfen Ich Weigere Mich Auch Das Wird Ein Bisschen Ich Werd Schnell Trainieren Wenn Wir Schon Dabeise Lass Mich Kurz Eine Sache Anmerken Wenn Ich Mal Einen Tag Aus Welchen Gründen Auch Immer Nicht Schaffen Werde Pop Platin Hochzuladen Was Denke Ich Nach Der Arena Die Sache Verständlich Ist Meine Anderen Videos Damit Voll Zu Spammen Dass Man Platin Verlagt Das Übrigens Keine Sache Die Prozess Zum Einen Beschleunigt Und Zum Anderen Irgendwas Anderes Macht Außer Irgendwie Ich Weiß Auch Nicht Mich Wütend Machen Das Könnten Leute In Zukunft Vielleicht Aufhören Denn Das Sind Genau Die Dinge Welche So Die Video Reihe Sehr Schnell Ins Negative Rücken Können Fürs Protokoll Oh Level 36 Okay Zappel Phil Mit Welcher Form Bist Du Uns Beehren Hey Zappel Phil Entwickelt Sich Aber Zu Was Entwickelt Er Sich Nur Oh Das So Cool Oh Das So Cool Oh Schau Ich Den Schau Ich Das Mammut An Das Mammut Tell Das Ist Ziemlich Cool Es Müsste Nur Angriffe Lernen Was Noch Cooler Wäre Aber Mammut Tell Darauf Kann Ich Mich Einlassen Eis Boden Wir haben Natürlich Schon Eist Typen Aber Wir haben Kein Boden Pokémon Frontas Niederlage Ich weiß Was Das Bedeutet Aber Das Ein Akzeptabler Angriffswert Wenn Ihr Mich Fragt Es Kann Leider Noch Keine Angriffe Die Uns Verspringen Mammut Lass Lass Mammut Erlebt 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 Mein Zimmer Ähm Es Sind Keine Guten Angriffe Die Es Lernt Muss Ich Leider Sagen Oh Nein Wobei Es Lernt Auf Level Oh Nein Oh Nein Es Lernt Auf Level 28 Eis Zahn Gelernt Oh Nein Ich Lernt Auf Level 40 Erdbeben Das Heißt Ich Denke Wir Werden Auf Jeden Fall So So Noch Auf 40 Trainieren Das Dürfte Ganz Hilfreich Sein Aber Ansonsten Werden Wohl Keine Eis Angriffe Bekommen Was Etwas Unangenehm Ist Aber Wisst ihr Was Ich denke Ich werde Mammut Direkt Auf Level 40 Trainieren Sollte Ich Auf Der Route Akzeptabel Hin Bekommen Und Das Ist Kein Guter Gegner Aber Wie Ist Regner Dementsprechend Sollte Es Nicht So Übel Werden Vom Wetter Her Und Das Sprite Ist Nicht Cool Von Mammute Komm Schauen Ich Weine Wir Haben Sowieso Ein Anderes Pokémon Für Eis Angriffe Streng Genommen Okay Auf Jedenfalls Mammute Ein Guter Counter Für Elektro Pokémon Und Das Sollten Wir Auch Schon Mal Zu Schätzen Wissen Und Diese Stärke Ist Ziemlich Stark Aber Ja Ich Werd Hier Dann Mal Eben Noch Ein Bisschen Zeit Investieren Oh Wie So Ist Jetzt Noch Ein Trainer Den Wir Nie Gemacht Haben Wieder Was Gelernt Ich War Auf Weg Zu Pokémon Center Zurück Aber Mit Dir Werd Ich Fertig Mit Deinem Dummen Level 25 Sandern Die Frage Die Ich Stelle Ist Wird Sandern Gefährlich Ich Sage Nein Los Schlitzer Zornklinge Ich Sind Auf Jeden Fall Kein Gefährlicher Angriff Okay Aus dem Level 38 Sich Gerade Stats Werden Ganz Akzeptabel Verteidigung Ist Auch Durchaus Sehr Ansehnlich Spezialverteilung Ist Nicht Allzu Optimal Aber Ansonsten Würde Ich Sagen Vor allem Der Angriff Ist Wirklich Akzeptabel Einfach Akzeptabel Okay Und Wenn Es Erst Mal Erdbeben Kann Dann Wird Es Uns Auch Was Bringen Aber Eiszahn Wäre Ein Echt Hilfreich Angriff Gewesen Für Mammute Ich Meine Natürlich Für Zappelfill Schauen Werden Auch Irgendwo Her Bekommen Können Unter Umständen Bräuchte Eine Herz Schuppe Okay Quapp Ist Erst Mal Der Letzte Gegner Gegen Den Zappelfill Kämpfen Muss Er Nicht Mehr So Viel Zappelt Seid Er Zu einem Mammut Wurde Ich Meint Vielleicht Zappelt Er Sehr Viel Um Durch Dann Level 40 Erreichen Und Dann Das Erdbeben Erlernen Und Dann Ist Zappelfill Erstmal Fertig Vielleicht Schauen wir Irgendwelche TMs Haben Die Zappelfill Anbieten Würden Zappelfill Hat einen Guten Angriff Könnte An Einigen Dingen Was Anfangen Am besten Wäre Natürlich Eine Herz Schuppe Aber Die Lassen In Dieser Videoreihe Auf Sich Warten Die Sache Ich Würde Gerne Sowohl Energiefokus Als Ausdauer Behalten Ich Denke Wir Brauchen Keinen Schlitzer Ehrlich Gesagt Stärke Werden Wir Denke Ich Als Vm Noch Weiter Brauchen Fürs Protokoll Okay Auf Jeden Fall Zappelfill Ist damit Erstmal Fertig Dann Würde Ich Sagen Wir Geben Petra Das Glücksei Und Werden Sie Auf Level 27 Trainieren Und Generell Werde Petra Dann Noch Den Epi Teil Ergeben Für Die Nächsten Paar Folgen Denn Petra Hat Sehr Interessante Angriffe Die Super Hilfreich Werden Können Gift Puder Stachelspor Schlaf Puder Und Egelsamen Und Manche Hauptsächlich Stachelspore Stachelspor Und Egelsamen Aber Das Problem Ist Dass Damit Kann Man Nicht Gut Kämpfe Gewinnen Ich Ich Wurde Gerade Lernen Habe Ich Hier Nicht Beigebracht Und Ich Glaube Das War Es Also Ziemlich Aufregend Ich hoffe Ihr habt Notizen Gemacht Wisst ihr Was Nur weil es Lange Dauert Heißt Es Nicht Dass Wir Es Nicht Durchziehen Können Petra Es Ist An Der Zeit Für Dich Den Kampf Zu Gewinnen Petra Hat Noch Nicht Einmal Gekämpft Müsste Dazu wissen Egelsamen Aber Egelsamen Hat Dann Ist Es Wohl An Der Zeit Raus Zu Wechseln Oh Gott Ich Dachte Das Könnte Hinhauen Aber So Einfach Ist Es Dann Wohl Doch Nicht Und Irgendwann Wird Unser Guter Borer Übrigens Auch Mal Einen Angriff Lernen Ich Sag Es Borer Wird Eine Maschine Wenn Er Erstmal Einen Angriff Lern Der Nicht Physisch Ist Das Wird Das Leben Aber Bis dahin Ist Noch Ein Bisschen Zeit Ich Erzähl Ich Da Nichts Neues Und Lustige Geschichte Borer Hat Die Fähigkeit Der Feuerfänger Welcher Wohl Dafür Sorgt Dass Feuerangriffe Keine Wirkung Haben Hat Absolut Keine Ahnung Dass Das Eine Sache Ist Aber Ja Das Hätte Wahrscheinlich Im Arena Kampf Gegen Tornupto Etwas Geholfen Auch Wenn Ich Glaube Dass Danach Der Kampf Aufs Gleich hinaus Gelaufen Wäre Weil Panferno Wäre Trotz Noch Ein Problem Gewesen Aber Reden Wir Nicht Darüber Sonst Wären Wir Nämlich Nicht Fertig So Komm Schon Sein Pokémon Gegen Das Kubel Kämpfen Kann Ist Jetzt An Dem Punkt Komm Schon Ich Wird Wen stens Für Level Abreichen Muss Man Fairerweise Sagen Ist Also Nicht Komplett Verkehr Aber Komm Schon Komm Schon Petra Wollte Nur Einmal Was Machen Ein einziges Mal Kämpfen Aber Es war Es war Nicht Vergönnt Und Da ist Ein Guter Absorber Dieser Schaden Ist Einfach Beängstigend Ich habe Übrigens Dargedacht Was für ein Item Ich Mammut Am besten Ich meine Natürlich Zirpelfill Am besten Geben Könnte Und Ich glaube Es wäre Ganz gut Wenn ich Im Segesang Geben Würde Zirpelfill Hat Nämlich Sehr Viele KP Und Es Wird Viel Schaden Auszeilen Dass Wir Mit Segesang Wirklich Gut Unterwegs Sein Werden Ehrlich Gesagt Level 27 Haben Ja Die Stats Gesehen Plus 1 Bis Voller Haus Mein Gott Okay 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 Wir Wir Machen Das Ganze Nochmal Okay Nein Machen Wir Nicht Ich Brauche Einen Leuchtstein Ich Hab Kein Leuchtstein Ich Ja Ich Ja Ich Hab Kein Wir Haben Nur Donnerstein Ich Fürchte Das Ist Kein Upgrade Gewesen Ich Glaub Die Sätze Sogar Noch Nie Wobei Spezialangriff Ist Auf Jeden Fall Höher Aber Der Brief Wern Nichts Er Kein Angriff Lass Mich Kurz Schauen Was Roselia So Lernen Würde Um herauszufinden Ob Es Wirklich In der Tat Keine Überlegung Wert Ist Ja Es Braucht Ein Leuchtstein Ja Ich Könnte Aus Untergrund Versuchen Zu Holen Roselia Lernt Zauberblatt Auf Level 15 Dann Sind Wir Vorbei Gigasor Auf 30 Ich Mein Unter 40 Toxin Ich Würde Auf Jeden Fall Schauen Wir Das Noch Auf Gigasor Bekommen Vielleicht Würde Ich Noch Toxin Mit Nehmen Und Dann So Wir Versuchen Weiter Zu Entwickeln Ehrlich Gesagt Aber Es Wird Auf Jeden Fall Noch Nicht Kämpfen Können Schleimi Du Bist dran Du Wirst In Schleimigen Fußstapfen Treten Mein Freund Das Das Falsche Item Und Der Schleimi Kann Ich Meins Kann Was War Das Match Bombe Der Ein Eingriff Der 90 Schaden Macht Und Sowas Das Ganz Gute Und Ansonsten Das Ich Hab Generation 8 Geschaut Gerade Oh Nein Rosalia Lernt Kiger Sorge Auf Level 25 Es Lernt Auf Level 40 Blätter Tanz War Blätter Tanz Der Angriff Der Für Drei Runden Geht Moment Zwei Bis Drei Runden Oh Gott Ich glaube Damit Können wir Nichts Anfangen Ich Ich glaube Wir werden Einfach Den Untergrund Gehen Kannst Du Gegen Kämpfen Schlamm Bombe Oh Das Können Kreide Schreien Was Auch Ziemlich Cool Ist Der Spezial Grip Sollte Nicht Allzu Hoch Sein Aber Wir Werden Sehen Lass Ich Nicht Herum Schleimen Okay Wie Will Ich Einfach Nur Damit Sagen Ich Denk Es Wäre Einfach Versuche Mit Rosalia Den Leuchtel Zu Find Rosalia Mit Sich Weiter Entwickelt Ansonsten Ich Könnte Auf Blättertanz Gehen Aber Das Problem Ist Toxin Auf Level 37 Wäre Natürlich Sehr Verlockend Wir Wollen Auf Level 37 Trainieren Und Dann Weiter Entwickeln Weil Toxin Sollten Wir An Sich Versuchen Mit Zunehmen Verwurzler Wäre Auch Extrem Gut Verwurzler Erlehrt Rosalia Auf Level 34 Und Toxin Auf 37 Kannst Du Bitte Aufhören Die ganze Zeit Hypnose Zu Machen Oh Mein Gott Ist Es Quappo Nervig Zu Bekämpfen Vor allem Kennst du Wieso Blubstrahl Der mir Viel zu viel Schaden Machen Wird Hyper Heiler Denke Ich Wache Auf Schleimi Wache Auf Vor allem Habe Ich Das Gefühl Der Kampf Könnte Eventuell genug Erfahrungsbote Geben Damit Das Level Ja Wobei Da fehlt Noch Ein bisschen Was Aber Komm Schauen Komm Schauen Initiative Sink Das ist Okay Okay Schleimi Und Jetzt Matschbombe Der Duplex Heap Ich habe mir Vorgestellt Dass es So ein Klatschgeräusch Macht Wenn man Auf Den Schleim Drauf Klatscht Dreimal Getroffen Matschbombe Und Wie viel Schaden Macht Das Es Macht Akzeptabel Wobei Das ist Ein Gegner Auf Level 19 Ich Woll Ganz S Aber Das Ist Überhaupt Nicht Akzeptabel Viel Angriff An sich Ist Aber Schleimi Hat Auch Keinen Spezial Angriff Darf Man Natürlich Auch Nicht Vergessen Und 753 Erfahrungspunkte Es Reicht Nicht Ganz Aber Es Reicht Fast Okay Noch Ein Willens Pokémon Dann Haben Wir Es Und Es Ist Ein Ja Retter Ist Okay Mit Retter Werden Wir Fertig Soweit Ich Bin gespannt Zu Was Schleim Wird Ich Hoffe Zu Irgendwas Das Nicht Fürchterlich Ist Das Finde Ich Echt Cool Und Als Ob Du Das Überlebt Hast Schleim Du Musst Dich Echt Weiter Entwickeln Ich Das Gefühl In Dein Aktuellen Körper Da Muss Ein Wesen Aus Schleim Geboren Werden Wie Die Uruk Die Werden Auch Aus Schleim Geboren Oder So Ähnlich Und So Muss Mit Schleim Laufen Schauen Welchen Krieger Wir Bekommen Werden Wobei Schleim Ist Physischer Angriff Nicht So Übel War So Fair Weise Sagen Elikid Mein Elikid Sollten Wir Relativ Schnell Direkt Nochmal Weiter Entwickeln Können Oder Oder Aber Elikid Mit Zuneigung Oh Nein Oh Nein Oh Nein Oh Nein Ich Ich Hab Mit Oh Nein Level 30 Entwickelt Sich Zu Elekt Gut Dann Wird Ich Werd Da Mal Noch Ein Level Up Rein Holen Level 39 Okay Schleim Zeig Uns Was Du Jetzt Wirst Ich Hoffe Es Keine Baby Form Mehr Evoli Da Würde Ich Sagen Der Donnerstein Den Wir Letztens Gefunden Haben Ich Zuerst Übersehen Aber Ich Hab Es Im Video Dann Gesehen Er Wird Jetzt Zum Einsatz Kommen Und Ich Hoffe Wer Dann Irgendwann Mal Ein Ende Diese Entwicklungsreihe Erreichen Langsam Langsam Reicht Muss Donnerstein Ich War Viel Zu Weit Oben Donnerstein Okay Schleimi Hey Schleimi Entwickelt Sich Hypno Das ist auf jeden Fall Ein sehr schleimiger Typ Dem Muss ich Soweit Zustimmen Können wir mit Hypno Was anfangen Es hat eine hohe Spezialverteidigung Die Angriffssätze Beide Gleichermaßen Niedrig Verhindert Einschlafen Ich meine Das ist ganz nett Ähm Ich denke Wir werden einfach Reinschauen Und sehen Wie es läuft Und Beziehungsweise Lass mich Kurz noch Nachschauen Was Hypno Alles Lernen Noch Lernen Kann Wenn Hypno Nichts Lernen Kann Dann Wird Das Sowieso Nicht Gut Gehen Hypno Lernt Zenkopf Stoß Auf Level 64 Auf Level 50 Psychokinese Kopfnuss Auf Level 38 Ähm Puh Ähm Wir werden es jetzt erstmal da lassen Ich fürchte Schleiby Ähm Slamt dann keine Angriffe Für die nächsten Slamt dann Entbrauchbaren Angriffe Auf Level 64 Beziehungsweise Level 50 Level 50 ist noch so weit Entfernt Äh Wir werden Schleiby mal Wir werden es mal noch da lassen Wir werden es mal so weiter Ignorieren Petra Geben wir natürlich den EP Tyler Denn da ist noch ein bisschen Was zu holen Und ich schätze Ansonsten werde ich dann Bis zum nächsten Mal noch Achja ich hab kein Fliegen Werden mir nichts mehr Was fliegen kann Ah ich werde bis zum nächsten Mal Noch versuchen Ein paar andere Pokémon hoch zu trainieren Wird wir Der gute Äh Baldrian Der gute Baldrian Kann sich noch entwickeln Ich würde gerne sehen Was daraus wird Äh ich würde sagen Das schauen wir bis zum nächsten Mal Auf jeden Fall an Aber erst mal Ah zu Team Galaktik Wollen wir noch hin Deswegen waren wir hier Oh mein Gott Ist das das Größte Problem An Schleim ist Auch wenn es Psychokinese lernt Ist noch das Problem Dass es Ähm Im direkten Konkurrenzdruck Mit Ähm Ähm Hä Vielleicht können wir mit der Matschbombe was anfangen Kreideschrei Hilft halt auch so wenig Weil wir nur spezielle Angriffe haben Äh Steht im direkten Konkurrenzkampf Mit strammer Max Und ich fürchte Kann ich es nicht mithalten Auch wenn strammer Max Mehr ein physischer Angreifer ist Also ein Spezialangriff Ist einfach viel höher Ja das ist äh Nicht gut aber Geben wir Zappelfill doch sein Item Der gute Seegesang Seegesang Und was können wir Bohrer geben Irgendwas das Feuerangriffe verstärkt Das wäre ich nämlich Ehrlich gesagt Ziemlich gut Denn äh Damit haben wir aktuell Ein paar Probleme Nach wie vor Ich mein Geben wir ihm Schafzahn Schätze ich Ist jetzt nicht wirklich hilfreich Aber spricht auch nichts dagegen Okay Äh genau Dann ansonsten Team Galactic Wollten wir noch hin Ja Es ist viel Zeit Vergangen seit hier zuletzt Weil wir wollen nach oben gehen Ich weiß Wir schauen uns hier nochmal vorbei Was könnte ich hier für TMs holen Ich kann es halt so null nachschauen Was äh Was ist Seidenschal Nein Oh Imitator Ich kann es nachschauen Feuerzahn Ich war kurz so empfohlen Ich dachte Yes Feuerzahn Da dachte ich mir Nein Moment den haben wir schon Schmeichler Schmeichler ist fantastisch Hydro Pumper Gyro Ball Gyro Ball hätten wir gebraucht Mimikri Schnabel Ich werde keine 8000 Münzen für Schnabel ausgeben Scheinwerfer Geheimpower Interessant Irrschlag Ist auch akzeptabel Bezierzer Näh Zuschuss Grimasse Und jetzt kommen die teuren Feuerwirbel Nein nicht Feuerwirbel Und Meditation Ich meine Schmeichler könnte hilfreich sein Ich überlege nur gerade für wen Äh nicht War es Schmeichler Was Spezialangriff erhöht Ich glaube schon Aber Besitzbank wahrscheinlich Aber Hm Ich würde lieber den Konfu-Strahl behalten Ich denke wir Wir äh Machen einfach weiter Ich glaube Da ist nicht wirklich Allzu sinnvolles Für uns zu holen Natürlich können wir uns Ein Pokémon theoretisch holen Ich meine Wir haben sonst keins hier In der Stadt geholt Ganz offensichtlich Es gibt es alles Für Pokémas hier Was Lass mich das auch mal eben nachschauen Sollten auch nicht Randomized sein Aber Die Entwicklung ist ja Randomized Also zählt das quasi Äh Warte gibt es Oh es gibt gar keine Pokémon mehr Okay Das war wohl nur eine Sache Wie ein Kanto Der Fall war Nein Ergibt denke ich auch Wieder mal Sinn Wie so viele Dinge Mit denen wir zu tun hatten Okay Ich weiß nicht ganz auf welchem Level Unsere Gegner sein werden Aber mal schauen Ich marschiere dann mal hier rein Wenn das okay ist Ich denke Ihr habt nichts dagegen einzuwenden Idioten Wir sehen wie dumm die sind Okay Los geht's Dein erster Kampf Zappelfel Mach dir die Schleicherei Durch das Hauptquartier Spaß eindringen Link Jetzt wirst du jedenfalls Ohne Schleicherei hinaus Befördert Das werden wir sehen Ich finde den Ausgang Selbst Geowatz Das ist doch eine Bewerbungsprobe Wenn ich jemals eine gesehen habe Zappelfel Erdbeben Ich denke Das Erdbeben hat Gute Chancen Direkt zu killen Ehrlich gesagt Komm schon Oh Das wollte ich sehen So ein gutes Step Erdbeben sollte man Nicht unterschätzen Das setzt schon Ein bisschen mehr Kraft Als viele andere Dinge Roserade Das kann sowieso Keine Angriffe lernen Man kann sich auch Direkt wieder zurückziehen Aber hey Zeit für Bora Was zu machen Und so haben wir Fast sowas ähnliches Wie ein Mittelmäßig ausgeglichenes Team Hey es kann wenigstens Zauberblatt Moment Zauberblatt konnte ich auch Es konnte noch nichts anderes Mehr lernen Das ist die Sache bei Roserade Wenn es sich erst mal entwickelt hat Lernt es in Generation 4 Keine Angriffe mehr Dementsprechend war es gut Dass unser Rosapfel gestorben ist Ich weiß Das sind ziemlich harte Worte Die ich gewählt habe Aber es ist wie es ist Es ist besser gelaufen So wie es gelaufen ist Ich kann dich wohl nicht Am weiterschleichen hindern Das ist richtig Und äh Lass ich mal kurz Eine Sache ändern Das Lied ist äh Es ist fast ein Hit Aber Es klingt auch so Als ob es ein bisschen Verstimmt wäre Irgendwie Na es ist kein Hit Es ist definitiv kein Hit Dein Licht wird verblassen Von jetzt an leuchtet Nur noch Team Galaktik Ich habe das Gefühl Team Plasma hat mehr geleuchtet Als Team Galaktik Aber ich vergleiche euch Generell zu oft miteinander Es tut mir leid Ich bin mir sicher Seid ein tolles Team Für euch allein Aber Es ist wie es ist So Pixi Äh Ist ein lustiges Pokémon Aber es ist ein schwaches Pokémon Das heißt es reicht Wenn ich einfach nur Stärke einsetze Ich meine Es ist nicht stark Es kann halt Nichts Es kann Gesang Vielleicht kann es Duplexi Und Metronom Und ich glaube Vielmehr kann es nicht mehr lernen Ehrlich gesagt Ist auf jeden Fall Ein bisschen tanky Komprimator Ich ziehe alles zurück Ich ziehe sofort alles zurück Es kann auch mehr lernen Leider hat ein Komprimator Aber nicht gereicht Um zu überleben Dementsprechend habe ich Doch noch gewonnen Es gibt nicht mal Viel Erfahrungspunkte Level 28 für Petra Giftspitzen Giftspitzen sind halt Eigentlich auch Für spätere Kämpfe Unfassbar stark Wenn wir einmal Giftspitzen auslegen können Dann werden alle Pokémon Das Gegner vergiftet Die er reinschickt Das ist ziemlich gut Staraptor kann Nahkampf Und das ist gefährlich Ähm Ich habe leider immer noch Eine relativ große Kampfschwäche Aber Ich denke Strammer Max Wird es größtenteils Aus tanken können Also du kannst Auch Aeroas einsetzen Ich werde mich nicht beschweren Es ist nur dumm Aber okay Das ist wohl nicht Mein Problem Wenn du Entscheidungen Triffst Und das Nenne ich Der Psychokinese Mein Gott Und wer Kommt rein Durch Wirbelwind Das ist nicht Das Pokémon Das ich im Kampf Sehen wollte Muss ich ehrlich Gestehen Petra Komm bitte zurück Petra hat ein bisschen Probleme In Level 39 Staraptor zu besiegen Genau wegen dem Aeroas Der hätte direkt Gekillt Und Aeroas Kann nicht mal Daneben gehen Das heißt Wer hätte nicht mal Darauf hoffen können Dass es nicht so wild wird Und Buddycheck Teilklaue Und wir haben Diesen Kampf Gewonnen So weit so gut Würde ich sagen So weit so gut Ich habe nicht viele Erfahrungspunkte Aber Petra hat eine Menge Erfahrungspunkte bekommen Aber das verstehe ich nicht Wieso die Eile Keine Ahnung Ich habe die letzten Stunden Damit verbracht Pokémon dumm zu leveln Den Punkt kann man es Mal ein bisschen eilig haben Auch ein bisschen Fortschritt An den Tag zu legen Ich verstehe auch nicht Ganz warum Aber hey Zappelfill Macht sich bisher Ziemlich gut Ich meine Er hat nur einen Angriff Wie kann man damit Nicht falsch machen Ein Bericht Namens ewigen Aus Pokémon Statuen Möchtest du ihn lesen? Pokémon Statue In Schrift 1 Von gestohlenem Schild Die Schöpfung Von Dialga Der Meister der Zeit Im Lachen steckt Weiden Und umgekehrt Verhält sich die Zeit Die gleiche Was die gleiche Zeit fließt weiter Der Segen von Dialga Ist mit allen Der blaue Text Wurde mit einem Höchstechnisierten Gerät Sichtbar gemacht Das der Boss Selbst gefertigt hat Möchtest du weiterlesen? Die Geburt von Palkia Dem Schöpfer Der Paralleldimensionen Lebendig Und doch nicht Schwebende Risse Im Raum Und demselben Universum Zu wirken Der Segen von Palkia Ist mit allem Der blaue Text Wurde mit einer Höchste Ja 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 Legen wir den Bericht Zurück Das sind Informationen Die kein Mensch Jemals erfahren sollte Du willst unsere Forschung Nicht sabotieren Für Team Galactic Ich mag es Dass er einfach Da saß Und Fernsehen Geschaut hat Dann hat er sich Nein weißt du was Nein Ich werde jetzt kämpfen Oh ein Blitzer Oh Das ist eine denkbar schlechte Entscheidung Im Kampf gegen Choppelfill Ich meine Irgendes Spezialangriff Könnte gefährlich werden Aber ich meine Nicht allzu viel Soll ich Spezialangriff Für die Blitzer Einsetzen könnte Denn ich glaube Seine Zeiten Sind bereits vorbei Ja das war ziemlich gut Und Petra erreicht Level 39 Ich hatte keine Chance Das war jämmerlich 2016 Poket Erinnere ich an 2016 Das waren Zeiten Oh Hallo Psst Hier drüben Uhu Diese Zusammenkunft Von Team Galactic Was denkst du Hat sie zu bedeuten Ich mag es Dass die uns nicht sehen Hochgeschätzte Mitglieder Von Team Galactic Hört meine Worte Mein Name So wie ich heute Vor euch trete Lautet Cyrus Und unsere Welt Ist barbarisch und plump Mit einem Wort Unvollendet Schon immer war das Überleben Hier in dieser Welt Von Mühsal erfüllt So wird es auch immer bleiben Menschen wie Pokémon Sind in ihrer Art Unvollkommen Dieser Mangel an Perfektion Lässt uns kämpfen Lässt uns andere verletzen Es ist schrecklich anzusehen Ich hasse diese Unvollständigkeit Mit meinem ganzen Körper Mit meinem ganzen Wesen Verabscheue ich sie Die Welt muss makellos sein Die Welt muss sich ändern Doch wer übernimmt diese Aufgabe Wer nimmt es auf sich Sie zu ändern Ich Cyrus Und Team Galactic Ja Jeder Und jede einzelne von euch Gemeinsam sind wir Mythen Auf den Grund gegangen Und haben ihre Geheimnisse Offengelegt Das hab ich auch gemacht Gemeinsam Haben wir legendäre Pokémon Gefangen Das hab ich auch gemacht Nun sind wir An einem Punkt angelangt An dem wir Über die Energie verfügen Die Welt zu verändern Welten Die wir uns nur in Träumen Vorstellen könnten Konten Sind nur in unserer Unmittelbaren Reichweite Versteht mich richtig Meine Freunde Mein langer sehender Traum Steht kurz davor Wirklichkeit zu werden All jene Die zum Kraterberg gehen Und jene Die hierbleiben werden Ein jeder Eine jede von uns Hat eine Mission Ich mag's Dass er Sehr an das Gendern gedacht hat So unterschiedlich Sie auch aus den Bögen Schlägt unser Herz Doch für das selbe Ziel Ruhm sein mit Team Galaktik Oh Team Galaktik Yeah Weißt du Cyrus ist der Größte Uh Galaktik Fahne mich auf der Fernseher Der im Hintergrund Von ihm war Ob das nur ein Fernseher Wo sie schon Flachbildschirme hatten Puh Das war also Cyrus Der warst von diesem Team Galaktik Eine beeindruckte Vorstellung Oder Noch dazu für einen so jungen Mann Als ich noch so jung war Da Aber in der Welt Nur für Team Galaktik Zu schaffen Für niemand anderen Was für ein absurder Plan So absurd Dass mir ganz schwindelig wird Aber das kann auch am Wetter liegen Eine neue Welt Wie soll die aussehen Und was passiert mit dieser hier Mit dieser unvollkommenen Welt Nun gut Es ist die Aufgabe Mit der internationalen Polizei Diese Dinge zu untersuchen Und ich bin ja hier Der anwesende Vertreter Dieser genialen Spürnasen Somit muss ich mich Um die Aufklärung bemühen Ich verabschiede mich nun Sei vorsichtig auf deinen Wegen Und schon ist er weg Okay Sie wollen also Ich meine Ich weiß genau Was sie vorhaben Aber Oh Schlafraum Team Galaktik Vor du ins Bett steigst Prüfe bitte Ob es leer ist Ja Das wäre sehr vorteilhaft So warte Ich mache mir gerade Ein bisschen Sorgen Ob da oben Nicht eventuell Großer Kampf Auf uns warten könnte Wenn hier schon Die Betten stehen Ich werde mal Noch mal zurückgehen Dann werden da noch Andere Teleporter Und ich glaube Die würde ich mir Noch gerne anschub Bevor wir weitergehen Ehrlich gesagt Nehmen wir den oberen Da ist das Item Feuerstein Ich wünsche den hätte ich Früher gefunden Dann hätten wir jetzt Kein Hypno Ah Bring mir den Feuerstein Irgendwas für irgendwas Wir könnten Duvlor weiterentwickeln Wenn ich Ich sollte In den Untergrund gehen Das Kredo Das Team Galaktik Alles gehört uns Und schau über die Welt hinaus Der ganze Weltraum Der Team Galaktik gehört Das ist Das ist einfach Nur absurd Du weißt nicht Welche Supermächte Uns hier beobachten In welcher Simulation Wir leben Du kannst nicht sagen Dass der Weltraum Einfach dir gehören wird Komm schon Also ernsthaft Der Weltraum gehört dir Das ist Das ist fürchterlich So wie Es gibt so Dumme Geschenke Man kann Einen Stern kaufen Ja würde ich jetzt sagen Was Wie Du kannst du nicht einfach Was Nein Wie soll das funktionieren Pass auf Ich meine Du kannst es natürlich Nicht wirklich kaufen Weil die gehören Niemandem Logisch Aber Stell mir doch vor Was das für ein Geschenk ist Hier Mutter Ich hab dir einen Stern Gekauft Er ist 3,5 Milliarden Lichtjahre entfernt Und seit 35 Millionen Jahren Erloschen Ich hoffe Er gefällt dir Man kann ihn noch sehen Hallo kleiner Trainer Du bist bei Team Galactic Schon eine Berühmtheit Wer dich aus dem Gefecht gesetzt hat Bekommt er eine Beförderung Zugegeben die Milliarden Jahre Waren übertrieben Aber ja Ich mag das nicht Das ist ein dummes Geschenk Würde ich einfach nur sagen Wenn mir jemand Einen Stern kaufen will Hätte ich nichts dagegen Aber kein Stern Pokémon wie Starmie Das ist dumm Und ich bin sehr froh Dass Darkai sich nur Jetzt entschieden hat Finta einzusetzen Denn Ich denke es sollte Gleich feinten Nachdem es von dem Erdbeben erfasst wurde Es lebt noch Das ist sehr beeindruckend Darkai war glaub Oh Gott Huh Ich muss aufstoßen Darkai war glaube ich Vom Typ Un Licht Es gibt aber Keinen Grund Deswegen trotzdem Mein Glück zu versuchen Und eventuell Einfach nur Schlitze Einzusetzen Oh nein Oh nein Der Albtraum Zappelfild Du musst aufwachen Zappelfild Nein Wenn sich nicht Ups Weiterentwickelt hätte Wenn man die linke Schultertaste drückt Dann klappt man den DS Quasi zu Falls ihr euch gewundert habt Was gerade passiert ist Nachtmar Erdbeben Komm Warum Warum ist das eine Sache Die funktioniert Sollte man nicht Eine Runde Cooldown haben Bevor man nochmal Eingeschliffert werden kann Das ist doch Das ist doch dämlich Dann machen wir noch Einen Hyperheiler Okay Nachtmar Schluck fehlt Und es setzt Ruckzuck Ruckzuck Okay Der ist ruckzuck Nicht so stark Ich frage mich Wie viel Schaden Nachtmar gemacht hätte Aber Ich glaube ich will es auch Gar nicht herausfinden Denn Das Gefühl es hätte Tödlich sein können Und wir haben 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 Das ist nicht eine Nette Überraschung Ein Kampf gewinnen Hin und wieder Hin und wieder mal Das ist Jetzt kannst du Warte was Warte was Können deine Stats Nicht mehr gesenkt werden Oder kannst du keine Statusveränderung generell bekommen Irgendwie sowas Und da ist der Aurora Strahl Ich habe gesagt Das Zwickunen kann Ergibt doch nicht wirklich Sinn Als Ich meine das Mehr oder weniger Signaturangriff von Zwickunen Aber es gibt nicht wirklich Sinn Weil es ein Eisangriff ist Und Zwickunen ist ein Wasserpokémon Aber Ist Ist okay Und zu guter Letzt Ein Skorgro Ah Bodenpokémon Natürlich auch Höchst gefährlich Da schickt mir noch besser Die Sitzbank raus Und lass das Ganze Mit einem Eisstrahl erledigen Nachtheap Der ist es nicht mal Step Wen willst du hier beeindrucken Das war ein erbärmlich schwacher Angriff Ist auch generell Auf Level 38 Das ist ebenfalls Erbärmlich schwach Ehrlich gesagt Eisstrahl Au Nein Nein Nicht der kalte Schrei Au Au Er brennt In meinen Ohren Und ich vermute Das sollte Zwickun Nicht überleben Okay Ähm Ich denke Nach dem Kampf Vielleicht noch schnell Zu den Betten zurückgehen Und mich aufheilen Weil es gibt keinen Grund Das nicht zu tun Und ich gehe auf Plus 5 Angriff Oh ja Bei einem Level Up Bekammstrahl und Max Wollen sieben Angriffspunkte dazu Hat von ein paar Günstige EVs gesammelt Aber sieben Mit einem Level Up Mein Gott Nein Ich wollte doch Zurück Genießt So eine verwirrende Ich habe die Fähigkeit Gegen Geowatz Eine allzu guter Resistenz Ich bin auf Ich bin auf Strammer Max gegangen Weil ich Angst Habe Dass Geowatz Finale oder Explosion macht Deswegen Ich darf auf jeden Fall Irgendwas haben Das Ich meine Zum einen Es hätte den Boden Angriff Gegen Borra machen können Der wäre nicht gut gewesen Für Feuer und Stahl Typen Aber jetzt habe ich die Sorge Dass es Finale oder Explosion macht Deswegen habe ich dann lieber Irgendwas draußen Das damit dann Zurecht kommt Das hat stattdessen Walzer gemacht Was einfach nur Sehr schwacher Angriff Aber ich denke Meine Sorge Waren nicht unbegründet Okay 378 757 Sag mal Petra willst du nochmal Wieder ein Level abbekommen Lass mich jetzt tun Was ich will Ich mag es Das einfach wie ein Kind Redet Ich will jetzt tun Was ich will So wir gehen zurück Zum Betten Ich würde fast sagen Wir sind erstmal So halt fertig Für heute Ich habe keine Ahnung Wie lange das Video Gerade geht Für das Protokoll Weil ich viel trainiert habe Aber Mir wäre echt wohler Wenn ich bis zum nächsten Mal Noch schnell ein anderes Pokémon Statt Schleimi Hochtrainieren kann Damit wir eventuell Ein etwas ausgeglicheneres Team haben Denn Wenn hier jetzt Ein unangenehmes Pokémon auftaucht Ich habe das Gefühl Wir sind noch nicht ganz Das Team ist noch nicht So ausgeglichen Wie es sein sollte Nein Wisst ihr Wisst ihr was wir machen Wir gehen in den Untergrund Wir gehen einfach kurz In den Untergrund Ich muss nur daran denken Die Energien des Öfteren Zu verlassen Ich hoffe Ihr seid bereit Auch für eine kleine Untergrund Session Ich weiß Schau mal Da ist ein bisschen Ruhe Ich weiß Ihr könnt jetzt nicht Den Top Screen sehen Aber Das ist okay Wir werden das überstehen Es geht nur darum Dass wir den der Unteren sehen Ich hoffe einfach Dass wir nicht Random disconnected werden Ich meine Wenn dann spielt es auch nicht Die größte Rolle Weil Ich werde sowieso abhauen Oh mein Gott Die sind in einem Komplett anderen Bereich Ich kann ja nirgendwo In die Wände Oh mein Gott Komm schon Yes Wir haben zwei Stellen Wisst ihr wie lange ich dafür Dem Zeug hinterherlaufen musste Es war etwas nervig Jetzt hör auf mir Das zu erklären Wir sind auf der Suche Nachsteinen Die mir bei der Entwicklung helfen Das ist keiner Vielleicht kann ich dafür Irgendwo einen kaufen Komm schon Was ist das andere Item hier Okay Ist nur Schrott Alles gut Alles gut Ja das wäre Okay Versuchen wir das Ganze nochmal Zwei Items Wurden hier bestätigt Leute Es könnte sich um zwei große Items handeln Es sind zwei große Okay Das war zu gut Ja Das wären 20 Und Purpur 20 Das ist ziemlich groß So ich würde ehrlich gesagt Erstmal kurz hinauf gehen Einfach damit ich speichern kann Weil ich habe Angst Dass es crashen wird Das macht das Ganze Zweitens langwierig Aber Oh mein Gott Ihr könnt den Top Street Nicht sehen Aber Die blinkenden Stellen Sind jetzt alle Die ganzen Die spawnen immer da Wo ich nicht hin kann Was soll das denn Gott der Untergrund Ist so frustrierend Was ist mit dir überhaupt So ist es fair Oder zwei Parade Lass uns doch handeln Ich will nicht wirklich Eine Falle Ich will eigentlich Irgendwas Das Was bringen würde Oh ich habe Ich habe ein paar Uh Dann meine ich Ich habe ein paar Stellen wo ich was holen kann Die Wand Geht leicht nach Ich möchte mein Glück Versuchen Vier Gegenstände Das ist wahrscheinlich auch Alles nur Was ist nicht alles Schrott Das ist ein großer Gegenstand Den wir hier bekommen haben Das ist noch ein großer Oh mein Gott Ist das eine Herzschupple Das ist keine Herzschupple Oder Was haben wir bekommen Jadesphäre Purposphäre Weißphäre Oh Weißfern sind eine Sache Ich habe das Gefühl Die Filmen Nicht allzu Die sind selten Oh Blumenfalle Puste die Falle Weg Ich kann nicht Pusten Was soll ich jetzt machen Ich kann nicht Pusten Okay Ich habe es hinbekommen Ich habe Shortcut Dafür Gesetzt Oh mein Gott Das ist so viel Fangen wir an Die Wand Gibt leicht nach Jetzt wird Gegraben Ich brauche ein Blatt Oder einen Sonnenstein Ich weiß Es sollte nicht so schwer Es ist ja die zu finden Oder Ich muss übrigens auch Aufführen Diese Anderen Sphären Mitzunehmen Die bringen halt Nichts Es war Komplett Fürchterlich Okay Wand Gibt leicht nach Drei Gegenstände Bestätigt Ist mir übrigens Egal Ob es Sinnvoller Wäre Wenn man Zuerst Mit dem Kleinen Teil Nur über Entlang Hämmert Um zu sehen Was es Alles Gibt Denn Wir haben Nicht Ewig Zeit Dafür Okay Hier War eh Nichts Gutes Das wird So lange Dauern Bis ich Hier Irgendeinen Stein Finde Was Da für Fallen Am Boden Überhaupt Blasenfalle Oh Herzschuppe Oh mein Gott Yes Yes Wir haben eine Herzschuppe Eine Herzschuppe Oh mein Gott Ich muss Ich muss sofort Hier raus Bevor die Verbindung Verloren geht Genau Genau Ich weiß Nicht mal mehr Für wen Wir die Herzschuppe Brauchen Oh Yeah Für Oh Yeah Natürlich Für Für Unser Getreues Mammut Oh Mein Gott Yes Das hat sich Jetzt schon Gelohnt Oh Mein Gott Was ist Hier Ich glaube Das ist ein Fossil Oder Was ist das Heißbrocken Was Wie auch immer Das ist auf jeden Fall Etwas Wir kommen langsam Voran Ich mochte den Untergrund Damals Übrigens sehr Ich hatte das Gefühl Dass er Vor allem In den Spielen Davor war es Immer echt schwer An gewisse Items Zu kommen Und ich hatte das Gefühl Man bekommt sie Hier einfach geschenkt Und ich konnte Nicht anders Ich musste so viel Zeit hier verbringen Ich meine Wenn du schon Die Möglichkeit hast So gute Items So einfach zu bekommen Das kannst du nicht Entgehen lassen Und in dem Fall Bin ich einfach nur Auf der Suche Nach Irgendwas Komm schon Hier ist doch Irgendwo Außerhalb Meiner Range Das heißt Ich kann wieder warten Das ist eine Sache Die ich immer Super frustriert finde Am Untergrund Dass irgendwie So ein bisschen Random ist Wo die ganzen Ich meine Wahrscheinlich Soll man dazu Bewegt werden Dass man Untergrund Sein Standort Wechseln Damit man In den Fallen Von anderen Spielern Tritt Oder so Aber Warum Spawnen die Teile Immer im Bereich Wo man gar nicht Hingehen kann Oh mein Gott Sie sind alle Wieder weg Nein Sie sind noch da Okay Warum sind sie Auf der Karte Nicht mehr angezeigt Ich habe das Gefühl Es ist nicht gut Geregelt Okay Was bekommen wir hier Nein 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 Komm schon Das ist ein Großer Es ist nicht so Als ob es mir Was bringt Aber Oh da ist ein Kleiner Es fehlt noch Was Egal Oh mein Gott Was ist Schau ich mal Das an Oh Oh wir haben Fossil Okay Immer noch nicht Das was ich suche Aber okay Nehmen wir mit Ich weiß Fossil kann ich auch Weiterentwickeln An sich Ein Panzer Fossil Ich glaube Da kommt mal ein Kabuto raus Oder Oh und der Ecke ist noch was Drei Items Bestätigt Ich sollte Ich glaube ich mal wieder Was ist das Ist das ein Sternstück Ich glaube es ist ein Sternstück Ich sollte mal wieder raus Bevor ich Die Verbindung Verliere Oder so Das wäre Nervig Okay Nichts von Wert verloren Prismensphäre Die sollte ich einpflanzen Und warten bis sie Groß wird Ich meine Das ist nämlich Harnik in dem Spiel Oh eine Falle Eine Chaosfalle In welche Richtung Ich laufe Wird jetzt ständig Umgeändert Ich bin sehr verwirrt Oh Das ist aber auch Was Gutes Ich dachte schon Es gibt hier keine Wand Die leicht nachgibt Ich frage mich langsam Ob ich hier irgendwann Noch was sehr Hilfreiches finden werde Oh Was haben wir hier Das ist ein Ewigstein Glaube ich Ich meine es auf jeden Fall Was anderes Ewigstein Yeah Nicht so hilfreich Oh Was ist das Das ist ein Nassbrocken Glaube ich Oder Indigosphäre Und Wasserstein Noch nicht ganz da Wo wir hinwollen Aber wir nähern uns Wir nähern uns Der Sache Auch der Wasserstein Hätte uns übrigens Dabei geholfen Kein Hypno zu bekommen Fürs Protokoll Oh Was ist das Oh das ist ein Rotstück Glaube ich Das ist mir gerade Auffällt Ich erinnere mich gerade Zurück Ein Purpurstück Natürlich Konnte man Leuchtsteine Nicht kaufen Ey warte Ich glaube die Konnte man In der letzten Stadt Kaufen Moment Eiseninsel Herzschuppe Yes Ich weiß nicht das Wofür ich hier bin Aber Ich werde mich nicht Über eine Herzschuppe Beschweren Schade Aber auch Mein Sphärenbeutel Ist voll Damit ist nur der Sphärenbeutel Gemeint Richtig Und nicht auch Richtige Items Richtig Ich vermute Ja Leute Sollten das Fern Gemeint Sein Ich gehe erstmal Hinauf Aber ich glaube ich werde es mal sein lassen Ehrlich gesagt Oh das dauert so lange Ich glaube ich werde nicht vorankommen Oh Moment Ich werde nicht ganz vorankommen Wenn wir das weitermachen Aber Es hat sich dennoch gelohnt Ich meine wir haben Wasserstein bekommen Der eventuell noch nützlich sein könnte Und zusätzlich Bekamen wir zwei Herzschuppen Die Definitiv nützlich sein werden Damit können wir also auf jeden Fall was anfangen Und dann würde ich sagen Wie das Ganze weiter geht Sehen wir im nächsten Mal Ich werde schauen Dass ich bis dahin noch was hochlevel Und Oh das sind träge Videos aktuell Mein Gott Äh bis dann Gute Nacht Eventuell werden wir Roselia kicken Weil ich keinen Leuchtstein finde Hallo Und willkommen zurück Zu Pokémon Platin Randomizer Nuzok Challenge Ich habe gerade eben wieder Gute Stühlein investiert Und ich habe Schmackhoff Auf Level 32 Auf 33 entwickelt sich Und bald gerade auf 29 Welch sich ebenfalls In einem Level entwickeln wird Und ich würde sagen Wir machen das Und wir sehen Was wir bekommen werden Nachdem ich meinen ganzen Ähm Roserade Plan Leider erstmal auf Eis legen muss Weil Ich habe keine Ahnung Wo ich einen Leuchtstein herbekommen soll Gleiches gilt leider auch für Du Ich komme kein Blattstein Ich habe es versucht im Untergrund Aber Ich will echt nicht für Stunden In Untergrund fahren Ich habe wirklich keine Lust Und ja ich weiß Dass da unten auch noch ein Item wäre Welches potenziell ein Stein sein könnte Aber Ist mir egal jetzt Okay Ein Warblue Welch ein mächtiges Pokémon Schmackhoff Ich glaube ich meine Natürlich Schmackhoff Ich glaube du wirst damit fertig Das hat übrigens in der Zwischenzeit Flammensturm gelernt Und Amnesie Was ganz cool ist Aber hauptsächlich ist Flammensturm auf jeden Fall Ein ziemlich hilfreicher Angriff Und es schreckt zurück gerade Sehe ich das richtig Komm schauen Oh und es kommt mir gerade wieder alles so langsam vor Ich habe wieder die ganze Zeit durchgespeedert Ich habe übrigens in der Route rechts vorne Flori trainiert Oh Gott Das dauert ewig Da sind die Pokémon auf Level 10 Aber Es sind starke und voll entwickelte Pokémon Die einem sehr viele Erfahrungspunkte geben Das heißt sie sind leicht zu besiegen Sogar für ein Pokémon wie Schmackhoff Welches absolut keine guten Stats hat Und ja damit kann ich auf jeden Fall Damit kann ich arbeiten Und da habe ich die beiden hochtrainiert Denn ansonsten werden sie Wesentlich zu schwach gewesen Um mit ihrem Gegner fertig zu werden Es tut mir leid das zu sagen Aber in ihrer aktuellen Form sind sie beide Entsetzlich schwache Pokémon Und wenn ich die entwickelt habe Dann gehen wir übrigens zu Team Galactic Boss Oder was auch immer Der Plan ist noch nicht verworfen Oh er brennt Mit deinem Panzerschutz Mir egal Du brennst im Regen Wie willst du dich davon erholen? Yeah Dachte ich mir gar nicht Bleibensturm Gott es geht alles so langsam Ihr wisst nicht Ich habe es in 5 fach Geschwindigkeit oder so gekämpft Und jetzt kommt das Das ist so langsam Level 33 für Schmackofatz Hey Schmackofatz entwickelt sich Komm schon Na Onyx Gut Haben wir einen Metallmantel? Wenn wir einen Metallmantel haben Ist das gut Aber ich glaube wir haben keinen Aber wir brauchen keinen Gesteinboden Ich meine Onyx ist an sich leider Schwach Schwach Oh es lernt Feuer Odem Oh okay Äh Interessant Ich denke dafür packen wir Energiefokus weg Okay komm schon Müsst du noch einen Metallmantel haben oder? Komm schon Komm schon Müsst du das noch weiterentwickeln Das müssen wir noch weiterentwickelt bekommen Metallstaub Äh Kein Metallmantel Ah Das bedeutet Dieses Schmackofatz ist leider Entsetzlich Nutzen Dann wiederum Verteilung Normale Verteilung ist hoch An die restlichen Stats sind so niedrig Das ist halt Das will uns nichts bringen Wir können mit der Onyx an dem Punkt des Spiels nicht mehr kämpfen Aber okay Mal schauen zu was Baldrian wird Ich habe das Gefühl bisher sind wir nicht gut dabei Also was es darum geht neue Teammitglieder zu finden Wir haben natürlich auch noch ein paar Routen offen die ich abklappern könnte aber Wir machen das eins nach dem anderen Okay wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Team Galactic weiter nachgehen Denn Ich will auch im Spiel hin und wieder noch ein bisschen vorankommen Zumindest so tun als ob ich vorankommen würde Hauriama Okay Ariama Baldrian Wirst du damit fertig? Äh Ich glaube ehrlich gesagt nicht Aber wir werden sehen Ladestrahl geht daneben Cool Das ist absolut fantastisch Der Überwurf hat ein wenig Schaden gemacht Aber Noch ist Baldrian im Spiel Jetzt glaube ich das erstmals der Ladestrahl daneben gegangen ist Und ich habe ihn Keine Ahnung 30 mal eingesetzt Bisher oder so Und genau dann Wenn man ihn mal im Video zeigt Geht daneben War nicht guter Schaden Aber der Spezialgriff ist gestiegen Ach Schön ist was ich damit meine Dass äh Baldrian echt nicht stark ist Man kann halt so nicht wirklich gegen irgendjemanden kämpfen Es geht halt schlicht und ergreiflich gut Ein Rabauz Aus welchen Gründen sind ja auch super viele Babypokon auf der Route unterwegs Ich trainiere jetzt mal weiter bis wir auf Level 30 sind Okay Komm schon Baldrian Was war gar kein Level ab Nein Ich wollte jetzt sagen Komm schon Wäre etwas Gutes Aber Es hat noch nicht immer gereicht Es will doch so ein kleines bisschen So ein winziges Kleines Winziges Minimales Bisschen Aber okay Wir kommen wir hin Erstens hier werde ich Baldrian mal eben auswechseln Denn Baldrian wird keinen Pflanzenpokon besiegen können Das ist Das klingt zwar jetzt sehr tragisch Aber es ist auch ziemlich tragisch Und Es wird schlicht und ergreiflich können Macht einen Fluch Ist mir egal Zappel Filles ist auf Level 41 Und hat hohen Angriff Ich denke Er wird mit dir fertig Ehrlich gesagt Ich denke Er wird das selben Griff bekommen Stärke Und Das ist Am Leben Okay Ich muss sagen Das ist eine Ich weiß Es hat noch Fluch eingesetzt Aber Auch dann muss ich sagen Das ist eine erschreckend Tue Verteidigung Die sich an den Tag legt Ich dachte nicht Dass er den Angriff überleben kann Ich weiß gerade Wir haben Flimpy 20 Das ist ein Blatter Der weiß Wie man sich verteidigt Und das ist Segesang Der uns seinen KP gibt Cool Level 30 für Baldrian Komm schon Hey Baldrian entwickelt sich Yes Oh Jan Mega ist so gut Oh Jan Mega ist so gut Glaube ich Ich meine Bisher hat das eine Menge Schaden gemacht Ich glaube Wir sollten mit Jan Mega Was anfangen können Oh yes Verfolgung Äh Nein Nein Ich will Ich will nicht unbedingt Nein Nein Wir wollen Verfolgung nicht lernen Ehrlich gesagt Was können wir zu Jan Mega denn so sehen Käferflug Lush liebt es zu rennen Ich meine Liebt es zu rennen Ist an dem Punkt ein bisschen Overkill Stats sind Akzeptvoll Spezialangriff Ist wirklich okay Blödsinn Die Angriffe noch ein bisschen mies sind Lass mich direkt mal einen Blick auf unsere TMs werfen Denn ich weiß Dass wir eine TM haben Die sich für diese Pokémon gut machen würde Wenn ich diese lernen kann Und diese TM ist Sie Die von der ich rede Ist selbstverständlich Kreuzschere Nein Keine Kreuzschere für Baldrian Okay Bisschen unangenehm Aber Bekommen wir hin Lass mich kurz schauen Was es für Angriffe lernt Also Jan Mega Auf welchem Level Ich meine Da muss noch irgendwas sein Vielleicht hat es auch bisher Irgendwas gelernt Womit wir besser anfangen können Ich könnte ihm Käferbiss Mit der Herzschuppe beibringen Was die Überlegung wert wäre Ansonsten lernt es erst Auf Level 46 Einen Käferangriff Das ist ein bisschen Ungünstig Und generell Ab Level 50 Lernt es super viele Verschiedene Angriffe Aber die kommen erst Sehr spät Oh warte Kann Oh mein Gott Warte Oh Oh mein Gott Kann Jan Mega Bitte fliegen lernen Oh komm Lass es fliegen lernen Das ist doch riesig Das musst du fliegen lernen können Oder Nein Warum kann niemand Fliegen lernen Ähm Wir werden trotzdem Eben zurückgehen Und der Käferbiss holen Damit Jan Mega Damit ein bisschen Was machen kann Und ähm Vielleicht können wir Mit das generell angreifen Kann ihm Spukball beibringen Ich meine Vielleicht Wenn wir Glück haben Nein Kein Spukball Wie sonst noch Irgendwie speziellen Angriffe Die okay sein könnten Schocksamen Wie wär's damit Nein Okay Kein Schocksamen Könnten Kraftreserve Versuchen Das kann ja eh Jedes Pokémon lernen Vielleicht können wir Mit Kraftreserve Was anfangen Je nachdem Von welchem Typ Es sein wird Ähm Ich denke Wir haben keine Verwendung mehr Für Funkensprung Ist zwar ein besserer Angriff Als Ladestrahl Aber Funkensprung Äh Ist nicht so gut Weil es physischer Angriff ist Ich meine Kraftreserve Kraftreserve Könnte sich als wirklich Okay herausstellen In dem Fall Ich würde aber dennoch sagen Dass wir mal eben Ähm Versuchen werden Kurz äh Wie heißt die Stadt Ich kann ja auch Wie die Stadt heißt Wo man Äh Wo der Tag gelernt ist Dass wir da kurz hinschauen Und ansonsten Äh Wir bräuchten doch Ein letztes Teammitglied Vielleicht werde ich Den letzten Slot Mal eben offen lassen Und Oh 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 Das ist mir jetzt Unangenehm Wie konnte das so passieren Dass ein totes Pokémon In dieser Box ist Und Jetzt ist es in mein Team Geraten Aber weil es tot ist Muss ich den Rahmen Dafür nicht weiter Umändern Oh 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 Und welches Pokémon Oh Das ist ja Oh was Der tote Körper Will uns Oh Haltet euch fest Ich glaube Er möchte uns Nach Weideburg fliegen Haltet euch gut fest Das ist ja Eine erstaunliche Wendung Die ich nicht hab Kommen sehen Ausgerechnet in die Stadt Wo der Attackenerler ist Was Ich hatte ja keine Ahnung Dass er unser totes Flauschi So Dass es so Das in sich hat Bist du der Typ Ich hab ne Herzschuppe Hey warte Wo sind meine Herzschuppen hin Oh muss ich das vielleicht Erst vom Forscherbeutel Übertragen Moment Moment Lass mich mal eben In den Untergrund gehen Schätze Herzschuppe Oh okay Ich muss das erste Mal In der Itemtasche übertragen Und wir sind zurück Mit zwei Herzschuppen Die wir direkt Beide einsetzen werden Tatsächlich Also zum einen Braucht ihr gute Zappel Füllenden Angriff Wir wollen Unglaublich gerne Agelsturm Nah Wir wollen Eiszahn lernen Ich weiß nicht Ob die Malste Angriffe Aber der einzige Physische Eisangriff Den Zappel Füll lernen wird Ich denke ich würde Ausdauer wegpacken Ehrlich gesagt Vor allem traue ich mich Eh nicht Ausdauer Einzusetzen Als ob ich dem Angriff In der Nasok Challenge Vertrauen würde Und ich weiß noch nicht Ganz welches Szenario ich es überhaupt Einsetzen würde Okay und dann Würde ich ganz gerne Noch Für äh Baldrian Schauen Denn Baldrian Braucht noch ein bisschen Was Aber es hätte auch noch Nachthieb gelernt Ultraschall Superschall Aufruhr Nachthieb wäre halt Auch cool gewesen Aber wir brauchen Den Käferbiss Auch wenn Baldrian Natürlich nicht der Optimalste physische Kämpfer ist Ist Käferbiss schon Schwer in Ordnung Ich denke wir werden Lichtschild sowieso Nie ein Äh Nein wir machen Kreideschrei weg Ich denke Lichtschild Wird hilfreicher Für uns sein Ehrlich gesagt Ich meine ich denke Es könnte beides Hilfreich sein Aber ich entscheide Mich dafür Und da soll Unsere Herzschuppen Und Oh oh Was ist das Mein Pokéball Er wackelt Und zappelt Oh oh Will er uns wieder Flauschi Du willst Es tut mir nicht leid Nein Nein Äh Ich mein Nein ich habe mich Dagegen entschieden Äh 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 Lassen wir Lassen wir Schleim 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 Ist hochgelevelt Und hat eine hohe Verteidigung Das heißt Schleim Könnte eventuell Äh Bisschen was tanken Oder so Keine Ahnung Also Das werde ich sogar Direkt machen Bevor wir Ich werde schauen Dass ich auf Level 40 komme Bevor wir dann Zu Team Galactic Gehen Kraftreserve war Sehr effektiv Auf Rettern Gerade Das bedeutet Unsere Kraftreserve Ist vom Typ Psycho Oder Boden Finden wir es heraus Wenn der Angriff Neutral ist Ist unsere Kraftreserve Typ Psycho Und wenn da nichts Effektiv ist Haben wir Boden Also Mal schauen Scheiß man so In den Farben Her Nicht einfach Erkennen kann Aber okay Wir haben Eine Typ Bodenkraftreserve Okay Oh Wir Äh Es will Antikkraft lernen 60 Schaden 100 Präzision Ähm 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 Ich würde fast Kraftreserve Dafür wegpacken Sache sind Wie ich ein Bodenangriff Klingt natürlich Erstmal verlockend Aber Wir haben Zwei Pokémon Mit Erdbeben Ich glaube Wir sind an der Front Ziemlich gut gedeckt Würde ich fast meinen Okay Wollen wir Offenlegung lernen Gegner die Schutzschild Und Scanner Verwendet Werden getroffen Entfernte Felt Diese Attacke Äh Nein Nein Das Das Wollen wir Wollen wir Nicht lernen Ich denke nicht Dass die Situation So oft Für uns Relevant sein wird Dass ich das Welche Einsetzen Will Beziehungsweise Lernen Will Okay Ich habe den alten Baldrian Auf Level 9 30 Trainiert War Meine AP Leer Und ich dachte mir Ja An dem Punkt Kann ich auch Einfach Wieder Zurück Gehen Ist ein Level Werb Wollen wir Schon Keinen Unterschied Machen Habe ich Recht Das ist doch Eine Einstellung Die eben noch nie Den Tod Eingebracht hat Naja Bestimmt nicht Auf jeden Fall Werden wir genau das machen Und ähm Ja Ansonsten ihr wisst Wie es mit den Angriffen Gelaufen ist Mal schauen Ob uns nicht Ein gewisser Team Galactic Vorstand Erwarten wird Ich hätte auch nichts dagegen Wenn es einfach noch Ein paar Random Trainer sind Denn unser Team Ist halbwegs Ausgeglichen Zwischen Ich habe was gegen Bodenangriffe Was ganz gut ist Genau Hier waren die Betten Bei denen brauchen Wir aktuell aber Nichts Euch beide habe ich Besiegt Und weiter Kamen wir Nicht Oh Wir haben Einen Teleporter Ähm Was ist ein Item Das sehe ich Funkelstein Ah Funkelstein Ist der falsche Der falsche Stein Weiß gar nicht Bei welchem Pokémon Funkelstein Funktioniert Aber ist auf jeden Fall Nicht der Den wir suchen Äh Fällt gerade auf Sonnenstein Würde für Duflo Auch funktionieren Hm Lauchstange Ich frage mich Für welches Pokémon Dieses Item Wohl gut sein wird Aber hey Wir sind ja Wir sind ja Ziemlich gut dabei Die Teleporter Gerade abzuklappern Oh da ist der letzte Oh oh Eine Treppe Ich lag also richtig Okay Tür ist verschlossen Brauchst einen speziellen Schlüssel Den G-Schlüssel verwenden Du bist also gekommen Ich nehme an Du hast meine Rede gehört Hehe Alles natürlich Eine große Lüge War Insofern Als es in meiner Absicht liegt Eine neue Welt Zu erschaffen Doch in dieser Welt Ist kein Platz Für Team Galactic Diese neue Welt Wird nur mir selbst Einen Platz bieten Das ist einfach nur Größenwahnsinnig Wäre es anders Dann wäre es nicht Die vollkommene Perfekte Welt Die mir vorschwebt Ja Ich glaube Ich glaube Jemand sollte ihn aufhalten Du hast meine Artlanger gesehen Eine erbärmliche Truppe Du könntest dich selbst Von ihrer Nutzlosigkeit Und Unvollkommenheit überzeugen Ich kenne den Grund Deine Anwesenheit Er ist spürbar Es geht hier um Selfie Tubuz und Vespriet Richtig Du willst sie retten Nun Meinen Plänen Dienen sie nicht weiter Ich brauche sie nicht mehr Wenn du sie unbedingt retten musst Dann bitteschön Tu es ruhig Mir ist das einerlei Oder nein Es würde mir sogar Den Ärger sparen Sie wieder loszuwerden Eines will ich dir aber noch sagen Ich finde dich recht bemerkenswert Was verbindet dich mit diesem Pokémon Rein gar nichts Ist es nicht so Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt Doch warum Nichts Liebe Mit Leid Diese kläglichen Unnützen Gefühle Sie sind unlogisch Und irrational Nur minderwertige Herzen Wie Menschen sie haben Können solche Empfindungen Hervorbringen Nun hat dich diese Sentimentalität Mir in die Arme getrieben Du wirst es bereuen Der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben Oh oh Schauen ob ich es wirklich bereuen werde Der Stimme meines Herzens Folge geleistet zu haben Grinch-Girl-Tonner Das ist direkt ein sehr ungünstiger Gegner Für Baldrian Muss ich sagen Ich denke ich werde direkt auf Sitzbank wechseln Sitzbank sollte ganz gut Schweibos Angriffe tanken können Und dann kommt ein Eisstrahl Und der Kampf ist quasi gewonnen Flügelschlag Ja das Nein der hat mir Schaden gemacht Das ich mir wünschen würde Aber dann wiederum gemessen hat Dass das Pokémon sogar ein Level höher ist Als Sitzbank war das doch sehr wenig Eisstrahl Mach weiter den Flügelschlag Da habe ich ja absolut nichts gegen einzuwenden Der soll mir nur recht sein Ich habe das Gefühl Schwalbos ist Eher so ein Pokémon Das man maximal bis Level 50 Verwendet und danach scheint Es etwas zurückzufallen Wenn ich einfach mal raten müsste Und Baldrian trägt noch Er trägt noch das Glücksei Baldrian müssen wir übrigens Bis Level 50 durchbekommen Und dann Ist alles in Ordnung In den hohen 50 Oh großer Gott Oh Großer Gott Nein Okay Es wird ernst Jetzt werden wir von Larka profitieren Das ist genau der Kampf Von dem ich geredet habe Der Moment ist gekommen Nein Nicht Larka einsetzen Wir wollten Egal Oh das hat so viel Komm schon Spiegel Cape Es gefällt mir jetzt nur bedingt Wie kann das so viel Schaden gewesen sein Weil das Problem ist Ich denke das vorhin genau wird Schlicht und greift nur Spiegel Cape Spammen Und das war es Machen wir am besten weiter Komm schon Konter Okay Ist noch einmal Konter einsetzt Wäre das ganz gut Aber ich will lieber sehen Dass es sich Vor Verwirrung selbst verletzt Spiegel Cape Ich will auch ein bisschen sehen Was es macht Und nicht mehr verwirrt Spiegel Cape Ich meine wie oft hat es Spiegel Cape Aber irgendein Punkt muss Spiegel Cape leer sein Vielleicht können wir So weit das Ganze noch hinaus zögern Komm schon Wäre wir selbst verletzt Yeah Nicht mehr verwirrt Spiegel Cape Es hört einfach nicht auf Spiegel Cape einzusetzen Das Problem ist Ich glaube wenn ich Wenn ich Wollingenommen mit Surfer treffe Könnte Spiegel Cape Zu viel Schaden machen Yeah Okay gut Das Problem ist Ich kann langsam Nicht mehr viel Zeit Hinaus zögern Okay Ist schon Zeit für Larka Nein es ist nicht Wir machen die Konfu Strahlen noch leer Ich hoffe nur Dass es dann eventuell Kein Spiegel Cape Mehr einsetzen kann Wenn es halt wenigstens Konter einsetzt Wird Aber es macht halt Nur Spiegel Cape Der ist es halt Es ist ein bisschen Witzlos Muss ich ehrlich gestehen Unser letzter Konfu Strahl Spiegel Cape Okay Da würde ich sagen Ähm Wir machen eine Larka Denn die werde ich Überleben können Oh mein Gott Konter Okay Wie machen wir jetzt weiter Folgender Plan Wir haben ihn X Spezial Hebt den Spezial Den Griff Okay wir machen X Spezial Kein Heilungsitem Fürs Protokoll Und wir haben den Kampf Gewonnen Gegen Wohingenau Larka Oh Gott Komm schon Yes Gott Dieses Wohingenau Oh So ein fürchterliches Pokémon in Nasog Challenges Und Flunkiefer Oh Gott Flunkiefer ist Das ist geschenkt Mein letztes Pokémon Dieses dumme Wohingenau Das wollte es aber auch wissen Aber ey Ich hab das irgendwie Ähm Ich weiß nicht Hab ich das gut gemacht Ich hab keine Ahnung Aber Ich hab auch das Gefühl Dass auch so wie es gelaufen ist Dass auch trotzdem Alles extrem knapp war Und ich nur mit sehr Ey das ist sehr knapp Dass ich all die KP Äh wegbekommen hab Mit der Lake Oh wirklich Und du hast jetzt So viel Verteidigung Ich mein der physische Angriff von Bora Ist ziemlich mies Deshalb es ganz gut wäre Wenn Bora Den anderen Angriff Lernen würde Aber okay Ja ich denke Das sollten wir hinbekommen Ein Knirscher Ist jetzt ein bisschen Unangenehm Aber Tut jetzt auch nicht weh Er tut jetzt auch nicht So sehr weh Okay Ja ja Macht den Knirscher Das ist vollkommen okay Werden uns gegenseitig beißen Und der der den Bösseren Ähm Den Festeren Biss hat Wird gewinnen Aber ich hab das Gefühl Es ist jemand mit Feurigen Zähnen Da natürlich der Knirscher Auf Volltreffer Aber meine Verteidigung sinkt nicht Und dann kommt die Top Genesung von Rich Girl Donner Ich find's übrigens auch Ziemlich cool Dass Flumenkiefer Nicht verbrennt oder so So dass ich einfach Irgendwann so weiter Angreife Können wir jetzt mit Eine Verbrennung haben Ich mein komm schon Es wird langsam lächerlich Da ist der Knirscher Dann kommt noch Ein Feuerzahn Jede Sekunde Erhaben wir es Das ist der aufregendste Kampf meines Lebens Müsst ihr wissen Vor allem nach dem Wohingenaukampf Muss ich sagen Das ist schon Echt aufregend Und meine Verteidigung sinkt Und Feuerzahn Und das War das Ende Das Team Galactic Cyrus Und ich bin mir sicher Wir werden ihn nie mehr Wiedersehen Richtig? Richtig Interessant Aber auch etwas merkwürdig Ja das trifft Auf viele Lebenslagen zu Jetzt verstehe ich Du bist wahrhaftig stark Diese Stärke Ziehst du aus der Zuneigung Die du zu deinen Pokémon Die du deinen Pokémon Gegenüber empfindest Was für eine Verschwendung Diese Gefühle Sind doch nur Illusionen Und wie alle Illusionen Verblassen sie mit der Zeit Bis das Ende Für sie immer Was Mit der Zeit Bis das Ende Sie für immer vernichtet Dies ist der Grund Aus dem ich Jeke Emotionen Abgelegt hab Denn sie sind nichts Als unnütze Sentimentalität Reden wir nicht mehr darüber Du wirst meine Argumentation Ohnehin nicht verstehen Doch erkenne ich Deinen Mut Und deine Stärke An Allein hergekommen zu sein Nimm dies zur Belohnung Oh Oh Yes Es gibt keinen besseren Pokémon Als den Meisterball Kein Pokémon Dem nur der Wildnis begegnet Das kann sich ihm entziehen Mir nützt dir überhaupt nichts Pokémon mache ich Äh Machen mir Pokémon mache ich mir Nicht zu Freunden Oder Partner Wie ihre Trainer Wie ihr Trainer es tut Ich setze sie nicht Zu meinen Zwecken Ich setze sie Nicht zu meinen Zwecken Ein wie es andere Mitglieder Von Team Galactic tun Ich kann gar nicht lesen Stattdessen mache ich mir Die Kraft der Pokémon Selbst zu eigen Wenn du die Pokémon Der Seen retten möchtest Dann nimm den Teleporter Im anderen Raum Ich begebe mich nun Zum Kraterberg Den Berg will ich erklimmen Um an seiner Spitze Bei dem Schicksal Ins Auge zu blicken Dort werde ich Meine neue Welt erschaffen Nicht eine Sondern seine neue Welt Wo geht der jetzt eigentlich hin Ähm Ich denke wir werden Die Pokémon befreien Und dann Äh Müssen wir zum Ich vermute Zum 8. Orden Tuch Tuch Das Ding an Und danach Ist es an der Zeit Zum Erlegen Der Finale Des Spiels zu kommen Wir benähern uns Im Ganzen Langsam aber sicher Was ist das hier Eine Mürtelbäre Unsere Taten Machen wir Ein richtig schlechtes Gewissen Das Experiment Geht wirklich zu weit Ich weiß nicht Ob ich die Pläne Von Meister Cyrus Noch vertreten kann Das ist ein bisschen seltsam Was ist das für ein Lied Was machen die hier überhaupt Eine Grünflüssigkeit Ist etwas Eine Grünflüssigkeit Ist etwas Klotier Pokémon Oha Mir ist viel zu übel Um noch ein Wort zu sagen Aber was wir geschaffen haben Wohin soll das doch führen Oh oh Ich weiß wirklich Oh Hallo Selfie ist hier eingesperrt Die Augen sind zugeknifft Es hat Schmerzen Okay warte mal Ich habe davor Noch ein paar Trainer gesehen Das heißt Ich werde mal kurz zurück gehen Und mich noch Im Team Galaktik Bettchen Zur Ruhe betten Zur letzten Ruhe Wir werden kurz Unsere KP auffüllen Und dann Schauen wir uns das Noch mal weiter an Warte mal Das Bett nicht sogar Hier um die Ecke Direkt Wenn ich gerade Darüber nachdenke Ich habe nämlich keine Ahnung Ob die Vorstände Noch gegen mich kämpfen wollen Und wenn sie es wollen Könnte das eventuell Mit geschwächten Pokémon Problematisch werden Ich weiß Ich habe hier schon Mit Pokémon gespielt Das ist ein bisschen Ungnützig Weil man geschwächt ist Okay Und da liegt eine Granabeere Ich wollte eigentlich Das Bett anklicken Falls ihr jemals Ein Item gesucht habt Am Fuße von dem Bett Der liegt eins Oh Gott Was hat Team Galaktik Nur getan Mir wird schlecht Wenn ich nur daran denke Selve ist hier eingesperrt Die Augen sind zugeknüpft Es hat Schmerzen Befreit Selve Oh die anderen Haben keine so großen Schmerzen Tobus hier eingesperrt Es zittert und bebt Es hat Schmerzen Oh Gott Es zittert und bebt Wesprit ist hier eingesperrt Der Schweif zuckt leicht Es hat Schmerzen Was macht ihr hier? Du bist nur hergekommen Um ein paar Pokémon zu retten Ich verstehe unseren Boss nicht Ich habe ihn noch nie verstanden Warum lässt er ein Kind wie dich Unbeteiligt kommen und gehen Unbehelligt Wir Team Galaktik Dämen uns was wir brauchen Und zerstören den Rest Egal du hast es so gewollt Ich werde dich willkommen heißen Das ist eine Rache Wegen deiner Beleidigung am See Oh Gott Wir kämpfen gegen ihn Ich meine ja Ich glaube mit Bureta werden wir fertig Antikkraft Und das war Purenta Macht akzeptablen Schaden Purenta macht Schwertanz Das sieht jetzt erst mal Bangsding da aus Aber Ich mache mir nicht allzu viele Sorgen Ehrlich gesagt Ich werde mich meinen Spezialangriff Noch eben erhöhen Wenn wir schon mal dabei sind Mit dem Ladestrahl Welcher Purenta gleichzeitig Auch noch besiegen wird So ein Zufall aber auch Und das war Purenta Ein paar Fahrungspunkte Auch echt nicht viele Aber es ist auch nur ein Purenta Wohl Nona Ich sehe schon Das ist Ihr wollt aktuell Echt nicht Dass ich vorankomme So diesmal Ich habe meine Lektion gelernt Gegen Feuer Pokémon Wollen wir die guten alten Bora Einsetzen Denn Bora Kann Feuerangriffe Einfach Absorbieren Nicht unbedingt absorbieren Aber ihr wisst was ich meine Dann knirschen wir mal Ein bisschen los Das ist mal nicht viel Schade Versuchen wir Felswurf Das Ferner trifft Noch Wohl Nona Ist das denn jetzt Wirklich nötig Präzision von dem Angriff Ist auch so schon Nicht so gut Ich meine Er macht ein bisschen Mehr Schaden Jetzt wird schon mal treffen Solltest du ja gewinnen können Dreimal ist okay Okay Wieder folgt damit Ich glaube wohl Nona Lernt auch nicht mehr Wirklicher Angriff Nachdem es sich weiterentwickelt hat Scheint aktuell Scheint ein bisschen Überfordert Mit der Situation zu sein Auch wenn ich nicht Immun gegen Glut wäre Wäre das halt auch alles Das ist nicht so stark Sind aber akzeptable Erfahrungen Ja Beide dann halt immer noch Das Glutzei Wie Senior Das ist ein mächtiger Kämpfer Fühl mich eingeschüchtert Wenn ich es direkt vor mir sehe Warum mache ich Knirscher Vielleicht können wir die Verteidigung senken Erneut Oh oh Ist das eine Citrobeere Oh dieses Wie Senior Weiß einfach Dass es Hunger hat Feuerzahn Au Der Slam Hat jetzt nicht so viel Schaden Ich würde fast sagen Wir haben auch diesen Team Galaktik Kampf Gewonnen Ich meine Könnte natürlich noch Schief gehen Aber Komm schon So viel kann nicht mehr Schief gehen An dem Punkt Das Problem ist Dass uns natürlich Wahrscheinlich noch Der andere Team Galaktik Vorstand Bevor steht Und ich habe das Gefühl Er wird auch nicht Also Positiv auf uns Zu sprechen sein Im Vergleich zu den anderen Team Galaktik Leute Welche uns natürlich Absolut lieben Und Feuerzahn Der letzte Finale Feuerzahn Es tut mir übrigens leid Wie Senior Ich hätte dich gerne Am Leben gelassen Aber Wir stehen uns leider Als Feinde In dieser Schlacht Gegenüber Okay Bist du stark Ken Trotzdem bedauere ich Menschen wie dich Achso Arg Warum bist du so stark Na gut Mach doch mit diesen Drei Pokémon Was du willst Drück den Knopf Auf der Maschine Um sie zu befreien Was mit dir Drücken wir den Knopf Ihr seid frei Meine Freunde Und weg Unser Boss schuf Eine rote Kette Aus Kristallen Die er den drei Pokémon Abnahm Er benötigte diese rote Kette Um etwas An dem Kraterwerk Zu ketten Und es scheint Dass er sie auch braucht Um etwas zu erschaffen Mehr weiß ich nicht Wer weiß schon Was er da oben Eigentlich vor hat Ich gehe dann mal Okay Er steht einfach nur da Er scheint eher Neutral Dem ganz gegenüber zu stehen Damit haben wir die Team Galactic Basis Abgeschlossen Das lief Akzeptabel Ich glaube wir können Zum Kraterberg Können wir zum Kraterberg Überhaupt schon nach oben Ich weiß gar nicht Ob wir das schon können Ich glaube das kann man erst später Wenn wir letzte Arena gemacht haben Aber Teleporter Team Galactic Der grüne Teleporter Bring dich ins Erdgeschoss zurück Auf so einem neuen Universum Team Galactic Wobei Ich glaube nach der 8. Arena Geht man direkt zu den Top 4 Das ist eigentlich die übliche Reihenfolge Dass man das Legendäre Zeug vor dem Letzten Orden macht Aber mal schauen Lass mich erst mal Ins Pokémon Center gehen Und dann überlegen wir weiter Aber ich kann auch mal schauen Ob ich vielleicht irgendein Item finde Das Von dem unser guter Ding Uns profitieren wird Der gute Baldrian Ich gebe ihm Magnet Denke ich Ehrlich gesagt Damit sein Elektroangriff Ein bisschen stärker ist Denn der ist an sich Ladeschreis an sich Ziemlich gut Weil Spezialangriff erhöht Damit kann man wirklich arbeiten Die Frage ist nur Wo gehen wir jetzt am besten hin Ich bekam den Kraxer neu dazu Aber was Was bringt der mir jetzt Ich bin mir gerade Wirklich nicht sicher Ich schätze Ich muss zum Kraterberg rüber gehen Ich werde erstmal hier nach unten gehen Und schauen ob ich Von dem Urlaubsding Und nach rechts gehen kann Wenn ich das kann Wäre das vielleicht schon mal ganz gut Denn dann ist das Auf jeden Fall der nächste Weg Ansonsten werde ich Mich irgendwie nicht Im Kraterberg Begeben müssen Obwohl ich nicht begeistert bin Aber wenn es getan werden muss Dann werden wir das hinter uns bringen Ach komm schon Kühnheitsufer Komm schon Ein Inkognito Das nicht Buchstabe A ist Ich dachte Das ist im Randomizer Gar nicht möglich Du wirst gebissen Von dem Käfer Hochinfektiös Dieser Biss Das war seltsam Okay So weit so gut Ich bin übrigens enttäuscht Dass ich bei all dem Training Das ich Für diesen Randomizer Auf mich genommen habe Nicht einen Shiny gefunden habe Stopp Stopp Ja das meine ich In Sonnenweg Hat sich Dass ich am Ende dieser Straße befindet Hat es einen Stromausfall gegeben Sie arbeitet bereits daran Die Störung zu beheben Und die Straße bleibt trotzdem Vorher ist gesperrt Warum ist die Straße Wegen dem Stromausfall gesperrt Das ergibt nicht mal Sinn Wenn ein Pokémon Bei das Kraxler kann Nein Kraxler war Das war Ich habe vergessen Wie es heißt Ihr wisst was ich meine Das laute Pokémon Ich habe übrigens noch nicht Vor dem Kraterberg Heute anzufangen Stattdessen Nehmen wir Kabum Wir nehmen Kabum mit Statt Schleimi Schleimi ist sowieso Nicht allzu hilfreich Und mit Kabum Werden wir kurz bei Es gibt noch einige Items zu holen Bei diesem komischen Urlaubsresort Da unten Das heißt ich werde da Auf jeden Fall Erstmal noch hingehen Und dann müssen wir Richtung Kraterberg Und ich vermute Da muss ich dann mit Kraxler Irgendwo nach oben Ich weiß aber nicht Von wo aus Also Wo kraxlern wir Am besten entlang Ich kann auf jeden Fall Hier Kraxler einsetzen Richtig Yeah Dann gehe ich hier Weiter nach unten Und dann Gehe ich hier Nach oben Das soll der Weg sein Der mich zu den zwei Items Überführt Und dann gehen wir Hier nach unten Und dann nochmal Nach oben Und dann gehe ich Den ganzen Weg nochmal zurück Weil es gerade so spaßig war Dieser Weg ist dämlich Wolkentafel Dem rechtmäßigen Träger Einer Tafel Soll ihre Kraft Verliehen werden Durchbruch Das ist schwer in Ordnung Als TM Damit kann man was anfangen Ich glaube in meinem Team Aktuell nicht Aber prinzipiell Ist es gut Gab es hier sonst noch Stellen Wo man Kraxler einsetzen kann Oder soll Jetzt geben wir doch noch was Oder Oder will ich mir das ein Yeah Es gibt hier noch was So in dem Haus Waren wir auch noch nicht Hallo Und aufgrund eines Münzwurfs Sind wir hier im staubigen Aber man bekommt hier Die Poker Erweiterung Mhm Yep Der Poker Münzwurf Münzwurf Oder auch Münzwurf Je nachdem Ob ich das Wort Richtig aussprechen will Oder nicht Okay Was haben wir hier unten Ein Pokéball Ein guter alter Finsterball Ist auf jeden Fall in Ordnung So Dann gehen wir nach oben Ich glaube ich werde vielleicht Für den nächsten Part Dann sogar mal kurz nachschlagen Wo ich beim Kraterberg hin muss Wenn ich so drüber nachdenke Ich meine Ich springe nicht wirklich Was dagegen Das zu machen Ich würde sonst eh nur durchspulen Wie ich im Kreis laufe Top Elixier Wobei ich mir fast sicher bin Ich muss In diesen einen Raum Wo man surfen kann Wo alles neblig ist Wenn ich wisse Welche ich meine Ich weiß Welchen ich meine Wahrscheinlich werde ich Da dann zuerst hinschauen So Und jetzt Lass mich noch Hier runter gehen Ähm Ich denke ich habe ja schon Pokémon gefangen Auf der Route Hauptsächlich will ich Keine wilden Pokémon Denn die sind einfach Nur störend Ich kann hier noch surfen Hm Oh okay Hier komme ich dann Oh Oh Hier Sind noch ein paar Dinge Es gibt überhaupt nicht Wirklich so Wasserrute Du spielst gerade Sehr ungewohnt Das zu sehen Dass hier Trainer und sowas Unterwegs sind Warte es gibt hier Was zu entdecken Okay Okay Hi Wellenreiter Trainer Wie wäre es mit Deinem Kampf im Wasser Ich kann schwer Nein sagen Cool Trainer Ein Torgetick Level 31 Ich meine Das sind ein paar Gratis Erfahrungspunkte Für Baldrian Wenn ich jemals Welche gesehen habe Was haben wir hier Sonst noch zu sehen Die Trainer Scheinen nicht Komplett niedrig zu sein Vom Level her Was Gut sein kann Denke ich Aber was soll die Frage sein Reist du allein Weil Okay Mysteriöser Okay Level 31 Das ist okay Mysteriöser Matrose Reist du etwa Auch allein Wie ich sehe Hast du den Leviathan Des Wassers Gefunden Bist du von Team Aqua Willst du Unsere Welt Zerstören Du bist hier Nämlich gerade In den Komplett Anderen Linien Am Plot Wirst Gefangen Und ich Weiß nicht Ob hier Platz Für dich Ist Hey Warum Ist mein Spezialangriff Nicht Gestiegen Volltreffer Unparalysiert Ist es nicht Rege Dass der Spezialangriff Steigt Wenn man Ladestrahl Einsetzt Oh mein Gott Lass mich Raten Du kannst Nicht Eingreifen Weil du Paralysiert Bist Nein Ladestrahl Okay Dieses Dumme Kayoga Okay Geh mal Weg Wenn der Spezialangriff Jetzt wieder Nicht Steigt Dann Okay Das ist Ein bisschen Seltsam Ich habe Absolut Keine Ahnung Was Damit Auf Sich Hat Ich Vielleicht Ersteigt Immer Wenn Man Das Einsetzt Wie auch Immer Oh Natürlich 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 Selbstverständlich Selbstverständlich Ist es Ein Trainer Der Groundon Und Kayoga Bei sich Hat Wir Wir Waren Unterwegs Und Wir Haben Irgendwie Aus Irgendwelchen Gründen Die Dritte Generation Gefunden Und Es Ist Sehr Beängstigt Stell dir Mal vor Ich wäre Hier Früher Hingekommen Nicht Mit Pokémon Die 15 Level Höher Sind Ah Antik Kraft Meine Schwäche Meine Große Oh Ist nicht Mehr So Eine Große Schwäche Wie es Mal war Ich hoffe Einfach Mal Dass Eisstrahl Von Sonntag Nicht Betroffen Wird Das Wäre Ganz Gut Ich Was Ist Die Wahrscheinlichkeit Dass Der Typ Ausrichtet Kayoga Und Groudon Beiß Hat Er Ist Doch Dumm Oh Was Volltreffer Nur Meryl Schätzen Zappel Phil Und Bohrer Das Ist Mein Dream Team Für Heute Oh Es Hört langsam Kalt Ein Sieg Wird Mich Sicher Auf Werben Hallihallo Möchtest Du Nicht Schwimmen Ich 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 Das ist ungünstig Aber Ist vom Level her Sehr niedrig Oh Mach bitte Kein Erdbeben Erdbeben Wäre Fatal An Dieser Stelle Greift Beide CQ Dann Ich Ich Sollte Sowieso Wenn er nur Aurora Strahl Können Vermute Ich Einfach Mal Und Das war Eine Starke Stärke Soweit Bohrer Macht Knirscher Was Ebenfalls Ziemlich Stark Ist Und Die Verteidigung Sinkt In Den Boden Okay Blubstrahl Yeah Ich Denke Das Wird Unser Guter Bohrer Überstehen Voll Natürlich Es So gut Überstanden Wie Ich Mir Gewünscht Hätte Aber Er Ziemlich Okay Überstanden So Erlegen Wir Sekunden Und Traunfugil Und Dann Kommen Noch Zwei Pokémon Aber Traunfugil Wird Wahrscheinlich Überleben Aber Dafür Können Wir Dann Gleich An Das Item Da Oben Ran Welches Bestimmt Absolut Es Wird Eine Dumme Bäre Oder Brief Sein Das Ist Eigentlich Direkt Traunfugil Hat Nicht Überlebt Ich weiß Auch Traunfugil Und Kein Traunmagic Traunfugil Entwickelt Man Mit Dem Anderen Stein Den Ich Gefunden Hab Oder Celebi Venuflibis Das Ist Ein Vernünftiges Team Gegen Das Wir Kämpfen Können Celebi Eiszahn Und Du Greif Ebenfalls Celebi An Ich Mach Mehr Gesagt Um Das Celebi Mehr Sorgen Als Um Das Selebi Nuflibis Was Wahrscheinlich Ein Fehler Ist Nuflibis Hat Wahrscheinlich Irgendwelche Nervigen Pflanzangriff Und Celebi Konfusion Und Teleport Oder So Ja Das War Erwärmlich Sind Aber Viel Legende Pogamon Hier Gerade Fällt Mir Auf Und Der Feuerzahn Von Borra Schaffen Wir Star Mit Winuflibis Halte ich Übrigens Für Generation 5 Pokémon Wenn Jemand Das Zeigen Würde Ich Sag Ja Das Generation 5 Aber Nein Generation 4 Ganz Offensichtlich Die Kühle Ist Wärts Und Die Kälte Der Niederlage Ein Doppeltes Problem Was ist Wohl Salziger Meine Tränen Oder Die See Wolkentaf Haben wir die Nicht Gerade Eben Schon Gefunden Ich Meine Okay Nett Denke Ich Bestimmt Für Irgendwas So Ich Will Mich Trotzdem Noch Weiter Hier Umschauen Denn Wir Sehen Noch Nicht Ganz Am Ende Sollte Es Irgendwas Hier Gibt Es Nichts Wirklich Ich Mein Item Da Wieder Haben Wirklich Da Ich Denke Ich Werde Einfach Wieder Zurück Gehen Ehrlich Gesagt Das Es Scheint Ansonsten Ich Will Ich Zu Führen Mal Wenn Ich Ein Pokémon Dabei Hätte Das Fliegen Kann Damit Ich Nicht Diesen Dummen Weg Zurückschwimmen Müsste Aber Man Kann Nicht Alles Haben Jetzt Mal Nach Links Dann Nach Unten Und Hier unten Kann Ich Auch Nicht Weiter Ich Hab Absolut Keine Ahnung Wie Man Da Rank Kommt Ich Denke Wir Gehen Einfach Ich Kann Da Unten Noch Irgendwie Hin Aber Ich Habe Jetzt Auch Gar Keine Lust Einfach Ein paar Unnütze Trainer Okay Pokémon Heilen Und Dann Kommen Fertig Beim Nächst Mal Gehen Zum Kraterberg Und Schauen Was Es Damit Alles Auf Sich Hat Das Könnte Abenteuerlich Und Gefährlich Werden Ich hoffe Ihr seid Bereit Dafür Bis Es Soweit Ist Speichere Ich Meine 33 Stunden Spielstand Ich Muss Ich Sagen 2 Oder 3 Stunden Davon Waren Gespeed Aber Das ist Eine Lange Zeit Aber Vielen Dank Fürs Zuschauen Bis Nächst Mal Und Gute Nacht Hallo Und Willkommen Zurück Zu Pokémon Platin Tut mir leid Dass das Hallo Aktuell Etwas Seltsam Klingt Aber Mein Hals Steht Ja Keine Ahnung Heute ist mein Hals Bisschen Rau Kratzig Bin ich Einfach Nur Damit Sagen Auf Jeden Fall Sind Wir Auf Den Weg Zum Kraterberg Und Ich Glaube Mir Steht Ein Weiter Weg Bevor Mir Fehlt Die Karte Fällt Mir Gerade Auf Das Item Badal Ist Schön Und Gut Aber Die Karte Ist Schon Gehen Denn Ich Hab Kein Pokémon Das Fliegen Kann Und Wir Werden Kraterberg Betreten Wir Werden Nach Oben Gehen Und Eventuell Werden Wir Diese Welt Für Immer Verlassen Aber Ganz Ich Hab Noch Nicht Ganz Entschied Ob Ich Das Machen Will Oder Nicht Wir Werden Sehen Bevor Ich Mich Aber In Die Richtung Begebe Müssen Wir Leider Nochmal Kurz Zum Shop Denn Ich Habe Das Gefühl Ich Habe Nicht Mehr So Viele Hyper Tränke Bei Mir Ihr Habt Auch Markt In der Stadt Richtig Richtig Oh Nein Haben Sie Ne Wie Viel Hyper Tränke Haben Wir Wie Viele Habe Ich Okay Wisst ihr Was Ich Glaube Ich Werde Mit 20 Über Die Runden Kommen Ich Glaube 20 Können Gerade So Gerade So Ausreichen Dann Zertrümmern Wir Ich Denke Kabum Wird Sowieso Für Nicht Allzu Viel Aktuell Oder Generell Für Uns Gut Sein Im Team Deswegen Werden Wir Ein paar V-Ms Zu Kommen Lassen Vermute V-M7 Wird In dem Teil Auch Wieder Kaskade Sein Fürs Protokoll Weiß Nicht Ganz Wie Kaskade Beibring Werde Vielleicht Wäre Ich Darf Einfach Kurz Räume Wieder Ins Team Nehmen Erstauner Kann Weg Ich Denn Wie Gesagt Kabum Wird Nicht Kämpfen Wir Haben Dafür Andere Pokémon Wir Haben Richtig Viele Generation 4 Pokémon Fällt Mir Gerade Auf Und Damit Meine Ich Drei Stück Von Fünf Team Mitgliedern Ganz Recht Man Muss Ja Man 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 Okay Klaxla Oh Hier ist ein Pokéball Fokusstoß Was war Fokusstoß Fokusstoß War glaube ich Der physische Hyperstrahl Richtig Richtig Fokusstoß Wo ist Er hin Einwander Erhöht Sein Metall Fokus Und Greift Dann An Sengt Gegnerische Spezial Verteidigung Oh Spezieller Es ist ein Spezieller Kampf Angriff Interessant Aber Ich denke Es ist nichts Was wir aktuell Benötigen Also gut Kraterberg Versuchen Wir Uns Hier Zu Orientieren Ich Muss Jetzt Wieder Bei Den Items Runter Strollen Okay Ich Hab Kurz Gespeedet Um Mein Leben Zu Erleichtern Aber Ich Bin Am Top Schutz Vorbei Wir Haben Auf Jedenfall Genug Top Schuss Bei Uns Das Ist Gut Denn Ich Links Gehen Habe Habe Schon Gesagt Dass Die Karte Beizuhaben Echt Nützlich Ist Und Sie Immer Offen Zu Haben Vor allem Sie Offen Zu Haben Hier Ist Sonst Nichts drin Schutz Wir 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 brauchen Schutz Wir haben Keine Zeit Zu Verlieren Hier Hier Haben Wir Irgendwo Glücksei Verloren Das Ich Weggeschleudert Habe Also Ich War Da Rechts Auch Noch Nie Oder Ist Auch Allein Pokéball Noch Übrig Da Konnte Man Hier Irgendwo Kraxler Machen Bin Gerade Echt Nicht Sicher Das Problem Ist Gerade Dass Wir Niemand Haben Der Fliegen Kann Das Macht Die Suche Hier Gerade Sehr Langwierig Das Kraxler Oh Das Könnte Er Weg Sein Wenn Ich Könnte Ich Vor Schnell Dass Wir Irgendwie Am Unteren Ende Von dem Berg Nach Oben Müssen Gut Dann Machen Wir Ein paar Kämpfe Mir Scheint Ich Kann Diese Kälte Hab Das Bedeutet Ich Kann Jedem Angriff Widerstehen Jedem Angriff Kann Sie Widerstehen Meinst Du Das Wollen Wir Ja Mal Sehen Gengar Hat Schwebe Gengar Ist Ansonsten Generell Etwas Problematisch Unter Umständen Mal Schauen Was Es Kann Wir Machen Eiszahn Finster Faust Wie viel Schaden Macht die Finster Faust Nicht Allzu Viel Und Eiszahn Absolut Akzeptabel Viel Ein Ich Ich Schätze Spätestens Zwei Runden Wer Gengar Sowieso Wegen Dem Hagel Besiegt Dieser Kampf Ist Relativ Geschmeidig Gewonnen Und Es Bestätigt Mich Auf Jeden Fall Ich werde hier direkt der Zappelfil an erster Stelle lassen, einfach weil es hier hagelt. Und Zappelfil dazu neigt, dass er mit Hagel relativ gut umgehen kann. Wenn mich das auf den Berg bringt, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ah, ich wollte Ski laufen. Naja, ich bin schon wieder in die Spur. Okay. Wenn das echt der richtige Weg ist, werde ich auf jeden Fall zurück zum Kraterberg gehen. Ein Impergator. Der Krokodok, von dem habe ich ne Menge gehört. Wisst ihr was? Da Impergator auf Level 36 keinen starken Wasserangriff kann, können wir einfach drinbleiben und Erdbeben machen. Ich habe das Gefühl, von Impergator geht nicht allzu viel Gefahr aus. Schon allein, weil es 6. Level unter mir ist. Agilität. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, ich lag soweit nicht verkehrt mit meiner Vermutung. Die dürfte in Gold richtig gewesen sein. Mal schauen, ob ich den Kampf vielleicht durchspeeden will. Au. Au, das könnte... Das macht neutralen Schaden. Je nachdem, was als nächstes eingesetzt wird. Und natürlich war es ein Volltreffer. Denn ich vermute, es wird wieder irgendein Level 36 Pokémon sein. Und... Das ist ein schwacher Kampf, wenn ich sowieso vom Level her komplett überlegen bin. Wow. Ein KP regeneriert. Cool. Es sind aber eine Menge Erfahrungspunkte, die wir hier bekommen. Es ist ein Manaphy. Ich meine, Manaphy ist fast ein bisschen aufregend. Es ist nicht mal Fiona oder so. Es ist das originale Manaphy. Das originale Pokémon, das man bekommt, wenn man Pokémon Ranger durchgespielt hat. Und dann Pokémon Ranger und seine Diamantperle oder Platin-Edition miteinander verbindet. Und dann kann man das Manaphy-Ei rüber tauschen, welches ungefähr 500.000 Schritte benötigt, bis es ausschlüpft. Aber... Das fand ich immer super cool. Oh, vielleicht sollte ich... Oh, Initiative sinkt. Ja, wir müssen gehen. Ich sollte generell aufhören, Zappelfill gegen Wasser-Pokémon draußen zu lassen. Das ist schlicht und ergreifend keine gute Idee. Ja, warte. Er sitzt man gerade gar nicht in soellig effizienten Angriff, aber... Das bekommen wir hin. Blubstrahl. Ne, ist nicht so gefährlich. Und... Kremscher Manaphy ist ein Tod. Ich glaube, Manaphy ist auch nie soellig stark gewesen. Es war auf jeden Fall in den Pokémon, das ich irgendwie cool fand. Dann wiederum... Manaphy hatte eine OK-Rolle in... Pokémon Mystery Dungeon. Erkundungsteam Zeit, Himmel und Finsternis. Ich glaube, das waren drei Stück, die als gleiches Spiel essentiell waren. Da hat man eins irgendwie gefunden, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Da ging die Story dann noch ein bisschen weiter, aber... Keine Ahnung, worauf das dann noch weiter hinaus lief, aber... Da ist immer prinzipiell eine Sache. Will ich einfach nur damit sagen. Kämscher die Laker. Säure-Panzer. Mich nervt es, dass es Superschall eingesetzt hat. Komm schon, Sitzbank. Sitzbank, nein! Und jetzt kommt die Hage-Animation. Und dann kommt die Überreste... Nein, jetzt kommt die Schall-Animation. Dann kommt die Überreste-Animation. Und dann können wir nochmal angreifen. Ich habe das Gefühl, dass jede Animation, jede Runde erneut abgespielt werden muss. Eine Sache, die mehr Zeit kostet, als ich mir wünschen würde. Und damit meine ich, ich bin mir da sehr sicher. Ich habe nicht nur das Gefühl. Und das war Manafee. Wuh! 828. Akzeptabel, viele Erfahrungspunkte, schätze ich. Nein, nicht wirklich, aber es ist Manafee. Und Sitzbank ist wieder fast aufgeheilt. Diese Überreste sind einfach so stark für Sitzbank. Slime-Mock. Ein Slime-Mock. Ich meine, wo für ein unnötiges Risiko eingehen, wenn wir auch einfach den Schraub in Max rausschicken können und Nerdbeben. Nein, eine Psychokinese machen. Schlammbombe hat kein... Oh, ging daneben. Schlammbombe war, glaube ich... Das war wahrscheinlich der Bodenangefieder. Matsch war Gift und Schlamm ist Boden. Das ist eine Sache, die ich mir merken muss. Ich weiß nicht, ob ich jemals in der Lage sein werde, es mir wirklich zu merken, aber... Matsch ist Gift, Schlamm ist Boden. Okay. Oh, das war ebenfalls sehr schwach. Gut. So weit, so gut. So weit, so gut. Und niemand ist sehr verletzt worden, außer die Gefühle. Und, ähm... Natürlich Zappelfill, der ein bisschen mehr Schaden genommen hat, als ich mir gewünscht hätte. Oh mein Gott, Zappelfill hat auch schon 150 KP. Das ist auch so viel. Ich meine, es ist nicht so... Ich meine, Sitzbank hat noch 30 mehr, aber es ist auch nicht wenig. Okay, wir haben Pokéball. Feuertafel. Die Kraft besiegter Giganten speist diese Tafel mit Energie. Oh Gott. Ich dachte, kurzer Trainer will kämpfen. X Spezialverteilung könnte noch hilfreich werden irgendwann. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann könnte es hilfreich werden. Und wir kämpfen. Oh. Was für eine angenehme Überraschung. Es ist das 500. Tornupto, das wir in dieser Nuzlocke sehen. Langsam sind es wirklich, 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 wirklich genug Tornupto gewesen. Willst du nicht spielen? Aber ab irgendeinem Punkt. Nein? Okay. Sehe ich schon. War noch nicht genug. Sternschauer. Das ist echt gefährlich, dieses Tornupto. Ich vermute, es wird nicht allzu gut damit zurechtkommen, wenn ich einfach Surfer einsetze. Oh, deswegen werde ich genau das machen. Ich will wirklich gegen keine Tornupto mehr kennen. Was soll das überhaupt? Vor allem die Sache ist, da wo ich meine... Neben Flori habe ich ja meine meisten Pokémon trainiert. Okay? Also, äh... Das Voltobal und... Zapelfill. Ich habe sie alle neben Flori trainiert. Und da gab es auch wilde Tornupto. Das heißt, ich habe während... Ich habe Offscreen noch so viel mehr Tornupto besiegt. Das war sogar da, wo wir das erste gefunden haben. Da hatten wir auch im Pergato ursprünglich her. Eisheiler. Das nenne ich Humor. Ah, ja, hier geht es nicht weiter. Hm. Was nehme ich das? Giftstreich. Okay. Ich denke, ich gehe da mal wieder zurück in den Kraterberg und wir versuchen, den Weg nach oben irgendwo zu finden. Und wenn ich schon mal hier bin, könnten wir hier doch direkt mal nochmal reinschauen und uns kurz aufheilen lassen. Ich mache es ja gleich um die Ecke. Also, zurück im Kraterberg. Ich vermute, hier bin ich schon zu weit. Und der Nebelraum hier, der wird uns auch nicht weiterbringen. Kann ich einfach runterlaufen? Ich kann einfach runterlaufen. Okay. Ist ja leichter mein Leben. Ähm. Ich glaube, wir waren generell noch nicht wirklich im südlichen Teil des Kraterbergs. Das heißt, vielleicht könnte ich da noch irgendwo weiter. Ich meine, ich sollte auf jeden Fall alle VMS dabei haben, die wir dafür benötigen. Bis auf Auflockern. Aber Auflockern ist auch nicht nötig. Hey, du! Es ist unmöglich, von hier auf den Gipfel des Kraterbergs zu kommen. Oh, nö. Hätte ich von der Ärztlingseite her aufbrechen sollen. Es war also keine gute Idee, es von der Ewigenau-Seite zu versuchen. Oh, die versteckte Maschinen-Server könnte ich auch gebrauchen, oder? Okay. Ha, ich, ich... Hm. Das lässt natürlich viele Fragen offen. Moment, ich will hier oben entlang gehen. Bin ich durchs Holgas. Es lässt natürlich viele Fragen offen, was genau ich machen muss. Aber ich glaube, ich bin auf einer guten Spur, ehrlich gesagt. Denn mein Gespür sagt mir, dass wir es eventuell von der Ärztlingenseite ausprobieren sollten. Hehehe. Ja, ja. Mein feines Gespür. Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, ich habe das Bedürfnis, den PC zu öffnen und... Und meine besiegten Pokémon anzuschauen. Oh, nein! Was ist das? Ist das etwa die Leiche von Flauschi, die einfach... Unkontrollierbar sich ihren Weg in mein Team gebahnt hat? Ein weiteres Wunder, das wir miterleben dürfen. Und... Was ist das? Oh, sehe ich das richtig? Dass die vor sich hin verwesene Leiche von Flauschi nach Erzlingen fliegen möchte. Oh mein Gott. Es ist ein Wunder. Flauschi ist auferstanden. Und hat uns dann schon wieder zur richtigen Stadt rüber geflogen. Ich kann es einfach gar nicht glauben. Wir haben so viel Glück. Und dann... Was sagst du, Flauschi? Du möchtest... Dein letzter Wille ist es, wieder auf den PC zurückzugehen. Das ist, was ich sehr zu schätzen, dass du uns auch nach all dem, was passiert ist, noch weiterhilfst. Und jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Also, auf zum Kraterberg. Wie es aussieht, müssen wir von da aus irgendwo hochkacken. Ich bin sehr froh, dass sie jemanden von Team Galactic aufgestellt haben, der uns das Ganze erklärt. Sonst hätte das unangenehm werden können. So, hier brauchen wir mal wieder das Fahrrad zum ersten Mal seit 800 Jahren oder so. Ich kann es mal wieder auf Y setzen an sich. Dann würde ich es vielleicht sogar verwenden. Ich denke, ich werde es von hier innen aus versuchen. Oh, ich kann hier... Oh, hier muss ich dann lang surfern. Stehe. Da können wir bisher auf jeden Fall nicht entlang. Bin ich mit dem Fahrrad gerade? Nein, ich dachte kurz, ich bin mit dem Fahrrad da aufgesprungen. Eine Durinbeere. Oh, und jetzt können wir hier hoch. Okay. Okay, ich würde sagen, wir haben den Weg gefunden. Und seht ihr, ich musste nicht googeln dafür. Ich habe es von mir aus herausgefunden. Der Kraterberg. Erneut. Immer noch. Macht Gurt. Aber macht der Gurt auch Macht. Was macht der? Macht Gurt. Erhöht irgendwelche EVs bei Level-Ups. Also nichts, was wir wirklich verwenden wollen. Beziehungsweise erhöht generell irgendwie EVs, die man bekommt. Jetzt bin ich mal gespannt, was es hier im Kraterberg zu erledigen gibt. Denn ich erinnere mich nicht mehr gut an den Moment hier gerade. Beziehungsweise wo man hier im Kraterberg ist. Ich glaube, es passiert aber nichts. Möchtet sich sicher nicht mal irgendwelche Tränen herumstehen. Wir kommen aber noch im Macho-Band. Ist das nicht schön? Okay, ansonsten sollte hier nicht einfach irgendjemand irgendwo sein. Aber da ist ein Item, das wir noch mitnehmen können. Da vorn geht es auch noch weiter. Boah, der Kraterberg ist riesig. Stapfette! Ist hilfreich. Aber nicht für mich. Wenn jemand spontan von sich aus lernen würde, wäre es hilfreich. So ein direktes Auswechseln. Wir sind hier die Fausttafel. Zwei Wesen von Zeit und Raum wurden aus dem Ursprünglichen geboren. Äh, will ich hier runter? Ich glaube, ich bin da immer falsch abgebogen. Ja, das ist nicht der richtige Weg. Das ist überhaupt nicht der richtige Weg. Wir sind jetzt wieder draußen. Das ist falsch. Wo könnte ich noch anders abbiegen? Oh, ich kann hier unter der Brücke durch. Oh, das ergibt natürlich Sinn. Der Magma-Isierer! Wenn wir jetzt Magma fangen, dann können wir es entwickeln. Oh, ich weiß genau, wo wir jetzt entlang müssen. Okay, und das ist die Barriere, die man nicht durchdringen kann, wenn man den siebten Ort noch nicht hat, beziehungsweise sieben Galaktik noch nicht besiegt hat. Schauen wir uns doch einmal dieses Loch an. Ach. Hier in der Höhle? Jetzt? Ist aber kalt. Hä? Hä? Steht hier? Meine fachmännische Spürnase sagt mir, dass hier einst eine Wand mit einer Höhlenmalerei den Weg zur Spitze versperrte. Sie ist jetzt weg. Naja, sie liegt am Boden. So habe ich das erkannt. Sicher ist hier meine akademische Beweisführung klar. Seitdem die drei Pokémon der Seen von diesem Team gefangen wurden, äh, seitdem passiert gar Schreckliches. Aber auch mein überragendes Genie liefert keine weiteren Antworten. Der Ursprung dieses Übels ist aber klar. Es ist Cyrus von Team Galaktik. Und nun sind wir alle in dieser Sache verstrickt. Wir müssen weiter. Aber tu dir nicht, äh, aber tu dir nicht an dem Geröll weh. Ich bin voll gestolpert. Ist ein guter Trainer. Beweise, dass du es hier in dir hast und schreite voran. Ah, es ist gut. Du kannst dich entspannen. Der Probe habe ich dich unterzogen, um zu zeigen, dass du mir überlegen bist. Verstehst du? Überlegen, wenn auch mein Geist etwas schärfer sein mag. Auch die Commander sind mir überlegen. Und dieser Cyrus. Ich komme an Team Galaktik einfach nicht heran. Du musst es aufhalten. Nur dir ist es möglich. Ich kann dir nur dies mitgeben. Vor langer Zeit gelangt es während deiner Untersuchung in mein Besitz. Die schwarze Flöte. Oder die schwere. Hier bitte. Halt die Team Galaktik auf. Dann schauen wir uns die Schwirrflöte nochmal an. Aber warte, die ist gar nicht. Was ist es, was wir bekommen haben? Schwarze Flöte hält Pokémon vom Angriff ab. Das ist, das ist randomized gewesen, oder? Ich habe mir nämlich sehr, äh, willkürlich zu sein. Aber danke, Lebel. Weil es sich zu schätzen. Puh, okay. Gehen wir nach oben. Und dann wieder nach unten. Hey, hier gibt es bestimmt noch was. Seht ihr? Ein Top-Ether. Ich meine, der könnte noch hilfreich werden, irgendwann, wenn wir AP auffüllen können. Davon haben wir bisher nicht viele Items gefunden. Wir Rübel haben zwei Aufgaben. Zum einen dafür sorgen, dass unsere Operation am Gipfel gelingt. Und zum anderen, dass Pferden halten jegliche Eindringlinge. Ich bin jetzt der Eindringlinge in der Situation, oder was? Das erfahre ich jetzt. Bis ich der Eindringling bin. Okay. Kremutak. Nicht der optimalste Gegner für ein Boden-Pokémon. Wie so oft. Ich denke aber, Baldrian sollte mit Kremutak ganz gut... Oh Gott, warte, Kremutak. Oh nein. Oh nein, okay. Das könnte gefährlich werden. Okay. Es hat nicht den Angriff gemacht, von dem ich dachte, dass es den machen würde. Aber ich werde erst sagen, welchen Angriff ich meine, wenn es besiegt ist. Denn vorher habe ich große Angst. Käferbiss! Okay, das sieht gut aus. Sternschauer. Ich wollte natürlich sagen, ich hatte große Angst davor, dass es vielleicht Schwertanz einsetzt. Denn... Das wäre nicht das erste Kremutak, welches sich mit Schwertanz hochboostet. Und dann daraufhin alle Pokémon von uns killt. Oder nahezu killt. Dann habe ich hier sehr schlechte Erinnerungen daran. Aber das ging auch ganz akzeptabel. Ich kann es nicht akzeptieren und das will ich auch nicht akzeptieren. Du kannst nicht und du willst nicht. Klingt ja so, als ob du ein Querschläger wärst, ehrlich gesagt. Warum dauert eigentlich das Aufheilen immer länger, je mehr KP die Pokémon haben? Ist ein bisschen nervig. Wie auch das Schaden nehmen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist Team Galaktik. Absolut galaktisch. Er hat ein Pokémon. Ein Libeldra. Uh. Libeldra ist immer ein cooles Pokémon mit seiner Sandbrille. Aber wie wird es sich gegen den Eiszahn schlagen? Vermutlich, wie die meisten Drachen Pokémon, wird es eine Vierfachschwäche haben. Und den Angriff nicht überleben. Danke, Libeldra. War meine Ehre, dich kennengelernt zu haben. Aber jetzt muss ich auch leider weiter. Tja, war das meine Zeit eigentlich gekommen? War das die Zeit von dem Galaktikrüpel? Kraterberg. Erneut. Schutz wirkt nicht mehr. Erneut. Ich denke, wir gehen einfach nach oben. Ich habe nicht wirklich einen Grund, in das hohe Gras zu gehen. Pokémon wäre wahrscheinlich relativ hoch vom Level her. Aber. Es gibt nicht wirklich was zu fangen für uns. Denn es ist immer noch alles der Kraterberg. Ohne irgendwelche Neuerrunganten. Oh, hier könnte man Kaskade einsetzen. Es gibt also definitiv Kaskade in diesem Spiel. Ein Sternenstück? Ist das ein Stück Sterne oder ein Stück Starmie? Oder einfach nur ein Stern, der vom Himmel gefallen ist? Oh Gott, das ist viel hohes Gras. Da geht es schon wieder rein. Wir werden das hier erst mal wegmachen, denke ich. Und bekommen das Schattenglas. Ey. Das ist doch ein akzeptables Item. Und dann schiebe ich den Felsen weg. Ich weiß nicht ganz, was mit dem Plan ist. Aber irgendjemand lebt hier gerade das Leben am Piano. Und führt sein Konzert auf. Ich schätze, ich werde mal hier reingehen. Kraterberg. Kraxler. Okay, wir haben also noch ein Team Galaktik-Rüble gefunden. Und dich werden wir zurück in die Zeit schicken, der du noch nicht mit dem Training begonnen hast. Du meinst in die Zeit von vor vier Wochen? Nein, bitte nicht. Ja, mega. Ebenfalls ein Pokémon, welches akzeptabel schnell durch Eiszahn draufgehen sollte. Die Offenlegung ist gescheitert. Ja, ich wünsche Zappelfil hätte einen anderen physischen Eisangriff. Das ist halt echt. Das ist ein bisschen vergeudeltes Potenzial. Vermut, wer hat... Das kann in Generation 4 einfach nicht ganz seinem Potenzial nachkommen. Oder ist das ein bisschen schade? Hey! Hey! Zappelfil! Ich habe übrigens den Temposchub als Fertigkeit nicht ganz verstanden. Ich meine... Es ist, wenn es anfängt, schon schneller als nahezu alle Pokémon. Und spätestens dann, wenn es zweimal Temposchub einsetzt, sowieso schneller. Und dafür kostet es jede Runde immer Zeit. Es ist ein bisschen mehr... Der Eingriff ist mehr nerviger als... Äh, die Fähigkeit ist gefühlt mehr nerviger als nützlich. Aber irgendjemand wird mir bestimmt erklären, dass sie in der Tat sehr nützlich ist. Aber ist mir egal. Nein, ich habe einen Mantax zu besiegen. Wisst ihr, was ein optimaler Gegner für Mantax wäre? Ein, äh, Baldrian. Ein Jan Mega! Der Baldrian! Jan Mega ist aus einer Kugel geschlüpft. Und wurde zu einer mächtigen Libelle. Und wisst ihr, was das Beste an dieser Libelle ist? Diese Libelle... Au! Hat einen Ladestrahl. Der daneben geht. Das ist, äh... Nicht so cool. Wie viel Schaden nehmen wir? Ähm... Ich würde fast bei ihm aufheilen. Dieses dumme Mantax... Dieses dumme Mantax mit seiner Aquawelle ist stärker, als ich mir wünsche. Aber ich glaube, Baldrian hat vielleicht auch keine gute Spezialverteidigung. Ich weiß nicht ganz, was ich gerade davon halten soll. Oh, okay. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin aber immerhin ganz froh, dass ich durch die Aquawelle nicht verwirrt wurde. Aber ich denke... Davon, äh... Um die Verwirrung müssen wir uns an dem Punkt von der Aquawelle nicht mehr viele Sorgen machen. Ich habe schon einen Ladestrahl. Nein! Oh, da ist die Aquawelle. Oh, mein Gott, Baldrian! Triff doch! So schwer kann es doch nicht sein! Dankeschön! Zweimal daneben! Der angefackte 90er Trefferquote! Oh mein Gott! Du wurdest von einem Mantax besiegt. Von einem dummen Mantax! Das ist nichts anderes kann, als Aquawelle! Und du hast Elektroangriff! Es kann doch kein Fußstrahl, Verzeihung! Oh mein Gott! Ich will diesen Kampf gerade nicht führen! Ich bin so sauer auf... Baldrian! Ging daneben! Sitzbank! Verletzt sich selbst zur Verwirrung! Selbstverständlich! Denn die Alternative wäre, dass der Kampf keine drei Jahre dauert. Und das können wir ihm so nicht zulassen. Bodycheck! Was ist das jetzt überhaupt für ein Schaden? Sitzbank! Oh, dieser Kampf macht mich wütend. Dieser Kampf macht mich gerade sehr wütend. Greif doch... Greif doch bitte dieses Mantax an! Wir sind jetzt in Runde 12 oder so! Und ihr bekommt es nicht hin! Mantax mit dem Angriff zu treffen! Wie schwer kann es sein? Weil ich auch hoffe, dass es eingefroren ist! Mein Gott! Also ernsthaft, wie schwer kann... Aufgetaucht! Oh Gott! Das kann doch nicht so schwer sein! Das ist nur ein dummes Mantax! Ich will das langsam nicht mehr! Das muss doch irgendwann auf... Ja, natürlich hast du dich von Verwirrung selbst verletzt! Oh Gott! Okay, ganz ruhig... Ganz ruhig bleiben! Wir dürften es Mantax nicht bemerken lassen, dass... Das kann euch nicht euer Ernst sein! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Aquarewelle... Ja, mach das! Das ist ein guter Angriff! Sitzbank, sei bitte! Ach, wir müssen jetzt durch Verwirrung und... Wir müssen durch die Paralyse! Oh mein Gott! Das war eine Geburt! Und zwar keine leichte! Das war eine mit Komplikationen! Ich erspare euch die Details! Das war eine Sauerei! Ähm... Nein, 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 nein! Na ja, da haben wir doch vielleicht was zum Bodenangriff! Der könnte gegen... Mach einfach Surfer! Oh, es hat Walzer! Oh, es hat Gesteinsangriffe! Gesteinsangriffe! Oh Gott, die hätte ich vielleicht! Ich habe... Wenn ich Geowatz sehe, bin ich so fokussiert darauf, dass es einfach... Das eventuell Finale oder Explosionen macht, dass ich komplett... Immer vergesse, dass es auch eventuell Gesteinsangriffe könnte! Im Endeffekt macht es sowieso immer nur Walzer, aber... Dennoch! Okay, strammer Max! Kümmere dich um die Lage! Ich denke, der Walzer sollte dich halt zu viel Schaden machen! Ich lag wieder mal richtig! Erdbeben! Kannst du übrigens wirklich irgendwann mal noch Sternenhieb lernen? So am Rande? Ich meine, du musst nicht, aber... Ich wollte es zu schätzen wissen, wenn du dich dazu entscheiden würdest, uns zu helfen! Der Walzer... Au! Erneut! Oh, der Walzer wird stärker! Ich denke, es hat eine Zeit für Geowatz zu gehen! Heh! Geowatz! Und es sollte gehen! Nein! Ist okay! Ganz auch nicht so lustig! Okay, wir haben es geschafft! Oh, dieser Kampf... Dieser Kampf hat mich gestört! Und zwar einiges daran! Wir machen einen Hypertrank... Auf... Fast alle Pokémon! Eventuell werden mir die Tränke ausgehen! Denn ich habe gerade in diesem Kampf so viel mehr Schaden genommen, als ich das sollte! Aber okay! Langsam, aber sicher! So, dann fehlt noch der strame Max! Und wir sind wieder im Spiel! Zurück im Spiel! Ähm... Dann brauchen wir noch... Ein paar Reiler... Nein, nehmen wir den Hyperheiler! Sitzt man, gönnt ihr den Hyperheiler! Und dann packen wir mal eben Baldrian in die erste Stelle! Denn Baldrian ist ja vom Level her fast schon zurückgefallen! Das kann so nicht gut gehen! Nächster Rüpel! Wir, Team Galactic, sind allmächtig! Nur ein Tor würde dem mächtigen Team Galactic trotzen! Seid ihr wirklich so mächtig? Oder ist das eine Sache, die ihr euch ja selbst untereinander erzählt? Ein Hypno! So eins bekamen wir auch! Und ähm... Hab's nicht so sehr trainiert! Nicht allzu sehr! Hypno kann auf jeden Fall sein Maximal Hypnose! Ansonsten sollte alles, was es einsetzen kann, absolut belanglos sein! Ja, ich will nicht sagen, dass Meditation... Äh... Mich in meinem Punkt bestärkt! Aber Meditation ist absolut belanglos! Und das war Hypno! Solide Arbeit, Baldrian! Solide Arbeit! Das Problem ist, dass Baldrian immer noch gute 10 Levels braucht, bis es die guten Angriffe lernt! Haa... Au! Au! Gerade mal Nummer 2 in dieser Folge! Gerade mal Nummer 2! Wahnsinn! Dieses Spiel und seine dummen Tornupto! Es kann... Es kann mich einfach nicht damit in Ruhe lassen! Es wird wirklich langsam nervig! Irgendwann kann ich jetzt gegen... Ähm... Bohrer absolut nichts mehr machen, außer Sternenschauer! Ich will schon einmal Felswurf! Oh, das ist hervorragend! Das ist schwer in Ordnung! Ach, jetzt geht das wieder los! Wollen wir das doch jedes Mal immer nur die gleichen Angriffe? Warum behält das den Einigler immer? Das ist das, was mich am meisten daran stört, glaube ich! Ich glaube, schon muss dreimal treffen! Dreimal! Noch einmal! Oh! Was für ein Treffer von Bohrer! Baldrian erreicht Level 42! Ist noch nicht ganz die 50er-Level, aber wir nähern uns! Puh! Okay! Das ist doch schon sehr viel weniger anstrengend, als der Kampf von davor! Ich möchte trotzdem keine wilden Pokémon! Denn ich habe heute gegen genug wilde Pokémon gekämpft! Das könnt ihr mir glauben! Kraterberg! Immer noch! Erneut! Donnerstein! Das ist immer noch nicht der Stein, den ich brauche! Wir haben jetzt so ziemlich alle Steine bekommen, außer die, die mir was bringen! Blatt, Sonnen und Leuchtsteine sind uns einfach nicht vergönnt! Sieht super cool aus, wie man hier langsam runtergeht! Will ich da überhaupt runtergehen? Ich glaube nicht wirklich, oder? Ich schätze, wir müssen irgendwo oben beim Berg hin! Wenn ich mal so raten müsste! Oh, hier geht es nach oben! Oh, hier geht es gewaltig nach oben! Unser Boss wird am Gipfel etwas Großes tun! Ich muss mich hier mit einem kleinen Eindringling herumschlagen! Du machst die ganze Atmosphäre kaputt! Kannst du wenigstens schnell verlieren? Die gleiche Frage wollte ich dir gerade auch stellen! Hehehe! Also, könntest du bitte wenigstens schnell verlieren? Ein Fione! Oh! Es ist Fake, Manafee! Manafee ist das einlegende der Pokémon, welches man in die Pension gibt und dann legt es ein Ei und es kommt Fione raus! Und Fione ist so unnütz! Ist einfach nur ein schlechtes Manafee! Und Manafee ist schon nicht gut! Okay, warum erhöht Ladestrahlen manchmal den Spezialangriff und manchmal nicht? War das bei mir sonst immer... Oh, natürlich war es ein Volltreffer! Ich könnte schwören, als ich mit Baldrian trainiert habe, dass der Ladestrahl immer den Spezialangriff erhöht hat! Ich könnte schwören, dass es eine 100%-Quote hat! Aber ich schätze, davon ist nicht mehr zu viel übrig! Und Baldrian hat keine gute Spezialverteidigung! Das ist... Das ist nicht gut! Baldrian sollte auch von dem Volltreffer, von dem Fione nicht so viel Schaden nehmen! Und reicht das? Es hat gereicht! Und ein Seedra-King! Das ist ein mächtiges Pokémon! Äh, psychokinesisch, schätze ich! Gute Sache ist, dass strammer Max gerade draus ist! Das heißt, dagegen sind auch Drachenangriffe, nur nicht so effektiv! Oh, die gute alte Lark! Ich meine, natürlich Lake! Lake! Äh! Und das war Seedra-King! Nicht so problematisch, wie ich gedacht hätte, ehrlich gesagt! Du solltest mich eigentlich nicht besiegen! Das war nicht geplant! Naja! Ich meine, du hast wenigstens schnell verloren! Muss man fairerweise nicht Hyperheiler! Wir brauchen die Hypertränke! Das andere Hyper! Nicht der Heiler, der Trank! Also, noch ein Hypertrank! Ich habe bereits 10 Stück aufgebraucht hier! Das ist bestimmt ein gutes Zeichen, oder? Ja, das ist ein gutes Zeichen! So, dann sollten wir noch ein, zwei Trainer machen! Und wenn wir dann nach draußen gehen, wenn wir im Gipfel angekommen sind, sind wir übrigens fertig für heute! Und beim nächsten Mal steht uns dann, äh, was Interessantes bevor! Dann kommt der legendäre Showdown in diesem Spiel! Ele Voltec! Das ist ein sehr schlechter Gegner für Baldrian! Natürlich sind irgendwie alle sehr schlechte Gegner für Baldrian! Dafür sollte Zappelfill das Ganze ungemein ausgleichen können mit seinem Bodentypen! Yep! Das war nicht so schwer! Erdbeben! Hey! Raita Mark! Was soll das? Blitzer! Ich werde jetzt, äh... Ich werde deine Hoffnungen nicht kaputt machen, Raita Mark, aber... Ich fürchte, dass Ele Voltec für einen Blitzer auszuwechseln hat, hat dann der Sachlage nicht viel geändert! Es hat daran sogar... Ich würde fast sagen, nichts geändert! Und Ele Voltec wird nach dem ersten Erdbeben down gehen! Vielleicht wird es eins überleben, aber ich sage, es wird sterben! Und das ist besiegt! Erdbeben! Erdbeben! 1747! Du hast mir die bittere Medizin der Niederlage verabreicht! Oh, das ist eine bittere Medizin! Die muss bitter sein, damit sie wirkt! Aber wir haben noch einen! Ich denke, ich lasse mal den Bohrer ein bisschen kämpfen! Ich hoffe, dass der was kommt mit dem Bohrer fertig wird! Du kannst stolz darauf sein, diesen Ort erreicht zu haben! Und mit diesem fröhlichen Gedanken schicke ich dich nun auf den Heimweg! Sei stolz darauf, dass du hier überhaupt hergekommen bist! Und diesen Gedanken sollst du beibehalten, während du nach Hause gehst! Ein Luxtra! Das ist, glaube ich, das erste Luxtra von dem Trainer, dem wir hier begegnen! Ehrlich gesagt! So, ich hoffe, wir setzen Elektro-Angriff ein! Denn das würde mein Leben ungemein erleichtern! Ich wünschte übrigens, ich hätte den Elektro-Pokémon irgendwann mal ein vollentwickeltes bekommen! Elektro-Pokémon sind eigentlich super cool, aber irgendwie... Irgendwie ist ich mir nie so ganz vergönnt, in den Nasox 1 ins Team zu nehmen! Und das war Luxra! Das gute Erdbeben von Zappelfill leistet genau die Arbeit, die ich mir erhofft hatte! Ein Heitaira! Heitaira! Ähm... Ich denke, wir machen Erdbeben! Das wird ein bisschen dauern, aber das wird viele Erfahrungspunkte geben! Gute Sache bei Heitaira ist, dass es eine hohe Spezialverteilung hat und niedrige physische! Schau dich an, wie langsam das sinkt! Das heißt, wir sollten damit die Erdbeben echt gut durchkommen! Oh mein Gott! Oh, so war ein Volltreffer! Uiuiuiui! Wenn der Zappelfill erst mal den Boden beben lässt, dann bleibt nicht mehr viel übrig! Und ein Damir Plex! Ähm, okay! Ein Damir Plex ist eines der Pokémon, die ich am wenigsten mag! Beziehungsweise, ich hasse es nicht aktiv, aber... Ich finde es aktiv äußerst unterdurchschnittlich! Ich meine, es sieht dumm aus! Ich glaube, es kann euch nicht wirklich was Interessantes lernen und... Ich mag Damir Plex nicht! Aber das kann Konfus strahlen! Cool! Ich glaube, es kann Rauchwolke lernen mit seinen, äh... Ja, aber es kann Hypnose... Ich glaube, es konnte Rauchwolke irgendwie! Ich glaube, die Leute dahinter waren, dass die Kugel aus seinem Geweih, äh, abfeuert oder so, aber... Ich glaube, das bilde ich mir auch einfach nur ein! Ich habe keine Ahnung! Ich mag Damir Plex auf jeden Fall nicht! Du, wie kannst du es wagen? So dankst du mir also meine Großzügigkeit! Yeah! Jetzt mache ich das immer! Oh, oh! Pfff! Okay! Ich würde sagen, wir sind dahin gekommen! Und beim nächsten Mal... ...werden Dinge geschehen! Das wird relativ... Das wird ein Ausflug, den wir unternehmen werden! Das aber erst beim nächsten Mal! Äh, vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal und... Hallo! Und willkommen! Zurück zu Pokémon Platin! Randomizer Nazorg Challenge! Wir befinden uns, ähm... ...auf der Sperrsäule! Und ich würde sagen... ...wir haben keine weitere Zeit zu verlieren! So, Boss verbringt gleich etwas ganz Großes! Komm ihm nicht in die Quere! Du willst doch, äh, den Zwischenfunk, oder? Ja, und deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig! Oh, ein beispielloses Duell! Oh! Ich hoffe, ich bin bereit dafür! X-Bud und Megania! Oh, das ist ein cooles Generation 2-Team! Möchte ich einfach mal anmerken! Äh, ich würde sagen, wir werden erst mal... Ich wollte zuerst sagen, wir werden erst mal versuchen, das Megania auszuschalten! Aber ehrlich gesagt, kann es nicht viel gefährliche Dinge! Es sollte das X-Bud loswerden! Und das ist erst mal... Genießt erst mal die höchste Priorität! Wünscht geht, glaube ich, auf alle und sollte dementsprechend nicht viel Schaden... Die Spezialverteilung von Balthian ist wirklich ein Problem! Ich habe das Gefühl, die wird Balthian früher oder später noch das Leben kosten! Das ist ausreichend, um X-Bud zu besiegen! Äh, natürlich nicht! Äh, Lichtschild killt, soweit ehrlich gesagt! Oh, Moment! Moment, 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 Moment! Wer mich nicht alles täuscht! Sollte unser guter Baldrian jetzt schneller sein als X-Bud! Yes! Das heißt, wir können es auf jeden Fall noch killen! Ansonsten hätte ich es jetzt mal eben zurückgezogen! Und Feuerzahn auf Megania! Sollte ebenfalls akzeptablen Schaden machen! Wir können dann direkt auch noch Käferwisse auf Megania machen! Oh, der Feuerzahn war hervorragend! Und Lockdorf ist ein hervorragend belagenloser Angriff! Ja, ja, Tempo-Schub! Ich verstehe schon! Macho Mai! Hm! Ähm! Ich denke, wir ziehen ihn zurück und holen dafür den strammen Max! Und du machst Käferwisse auf Megania! Kann... Es sollte passen! Es soll! Es wird schon passen! Ich will es mir gar nicht erst mal loswerden! Komm schon! Sehr schön! Jetzt wird sich zeigen, was das Macho Mai macht! Könnte gefährlich werden! Weckruf! Ja, das ist... Stärker, als ich mir wünschen würde! Und ein Schluckbech! Okay, da... Strammer Max hat von dem Schluckbech auf jeden Fall nichts zu befürchten! Ähm... Ich denke, ich muss zurückziehen! So, ich habe aber nichts, was gegen Kampf okay dasteht! Wir haben eine große Kampfschwäche mit allen Pokémon! Ähm... Dann versuchen wir Ladestrahl auf Macho Mai, schätze ich! Das ist nicht gut! Kampf ist eine große Schwäche von mir! Vor allem, solange ich noch keine Flugangriffe habe! Psychokinese wird kaum... Ah ja, Moment! Die Psychokinese reicht überhaupt nicht! Könnte Erdbeben machen! Okay, es ist versucht, äh... Warte, das ist schlecht, wenn es auf Strammer Max geht! Strammer Max... Uh... Nimmt Schaden! Nimmt durchaus Schaden! Okay, den Rest kann auf jeden Fall ein Erdbeben erledigen! Ganz vorsichtig, Baldrian! Wir wollen ja nicht, dass irgendwas schief geht! Ähm... Was macht bei... Wir werden Baldrian zurückziehen! Äh... Na ja, Moment! Jetzt wird Erdbeben eingesetzt! Ich kann nicht zurückziehen! Das hat sich nicht so gut durchdacht, okay? Mach einfach Antikkraft! Einfach ein bisschen extra Schaden! Ich dachte kurz, hat auf einen von den beiden keine Wirkung! Ey, ich hatte... Ich hatte etwas Angst! Das war Maromai! Und wie viel Schaden nimmt ein Schluck weg? Komm schon! Komm schon! Äh! Fast! Fast genug Schaden! Und es hortet! Ich wusste nicht, dass schon wieder Anfang 2020 ist und Leute anfangen zu horten! Au! Toxin! Äh... Psychogeneser auf Schluck weg! Und Antikkraft! Ich würde sagen, damit ist dieser Kampf überstanden! Und dann kommen wir zum wahren Showdown! Ryta Mark und Ryta Mark! Stärkste aller Rüpel! Das war ich einmal! Arg! Ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen! Ich stelle mich mal vor, wer der Stärkste von allen Rüpeln! Wir sind unfähig, dich aufzuhalten! Na gut, darf es passieren! Unsere Bossen machen Kleinholz aus dir! Oh, mehrere Bosse! Uh! Hm! Das begeistert mich jetzt nicht so sehr! Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Hypertränke! Auch wenn natürlich die Menge an Hypertränken, die wir haben, langsam aber stetig zur Neige geht! Ich hätte welche kaufen sollen! Okay! Es ist aber super cool hier oben! Schau euch das an! Oh Gott! Wie stellst du dir jetzt eigentlich vor, dass ich dich einfach durchlasse, damit du unsere Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei! Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen! Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten! Und ich bin die Nächste! Egal wie zähl du bist! Diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus! Oh Gott! Jochen, hilf mir! Ohne mich findet hier keine Party statt! Yeah! Keine Party ohne Jochen! Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche! Na, wenn das mal nicht dieser kleine Goldjunge ist! Wie er im See der Stärke geweint hat, hat er deinen Mann mit der Nase geputzt! Los! Kämpfen wir zwei gegen zwei! Oh nein! Oh nein! Was wird Jochen einsetzen? Ursache-Ring Ja, ich mein, Level... Warum hast du Level 40 Pokémon Jochen? Mach mich doch nicht schwach! Na, wir machen Feuerzahn auf Omot! Oh mein Gott! Ich werde erst mal versuchen, das Kryppok zu ignorieren, weil... Ja, Kryppok wird ein bisschen aushalten! Grimmasse! Das ist... Das kann man nicht... Oh mein Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Ähm... Sitzbank! Ähm... Hör auf damit! Oh mein Gott, das kann nicht dein Ernst sein! Ich habe so große Angst! Soll ich keinen Fußstrahl auf Kryppok machen oder... Eisstrahl? Ah... Versuchen wir Eisstrahl! Wir müssen... Wir müssen das Kryppok schwächen! Ibitak! Ibitak! Das ist physischer Angriff, richtig? Ja, ich glaube... Ich glaube, Tiefschlag ist physisch! Oh, mach dich ganz die Hälfte! Oh Gott! Ibitak, du... Oh mein Gott! Das kann nicht euer Ernst sein! Wir müssen irgendwie gewinnen! Eisstrahl auf Kryppok! Eisstrahl auf... Oh mein Gott, Jo... Oh... Ist... Ist das dein Ernst? Du hast einen Brutaladen, aber du startst mit Ursaring und wechselst dein Ibitak rein! Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll! Wir haben hier nur... Yes! Wir haben nur einen Kryppok vor uns, das zweimal Renkeschmied eingesetzt hat! Ich denke, man kann sich da durchaus Zeit lassen! Unglaublich! Jochen hat Nerven, der... Er hat Nerven! Mehr kann ich dazu nicht sagen! Und er nervt auch ein bisschen! Aber die gute alte Sitzbank... Hat das Schiff schon... Geschaukelt! Maskeregen! Weil das ist nicht das Pokémon von Jochen! Zwei Käfer! Ich würde fast sagen, ich werde mal ganz unauffällig auswechseln, um... Ach ja, Borra ist... Egal! Wir holen Borra rein! Ich denke, er hat der Damage technisch von Maskeregen und Umut absolut nicht zu befürchten! Schutzschild! Schutzschild! Brutalander setzt Schutzschild ein! Und es hat Loot eingesetzt, aber es hat nicht geklappt, weil... Ja, in dem Punkt werde ich einfach so warten, bis ich aufwache! Es gibt ja nicht viel, worauf wir noch erwarten können! Das ist einfach nur... Moment, wir haben erst das Pokémon auf der linken Seite! Ich sollte auf Maskeregen zuerst gehen! Brutalander weiß ich auf jeden Fall zu verteidigen! Ich werde auf jeden Fall erst mal versuchen, den linken Trainer auszuschalten und dann... Können wir uns zwei gegen eins um den anderen kümmern! Das war stark! Aber ich denke, Maskeregen ist an dem Punkt einfach nur wirklich schwach! Level 45 für Sitzbank! Hey! Hey! Was habe ich hier getan? Hör auf mich zu Ampel leuchten! Das war nicht mal Schaden! Ein Magnaien! Das hat einen Bedroher, aber ich denke, wir werden auch mit dieser Bedrohung umgehen können! Level 46! Ähm... Ich denke, ich mache einfach weiter einen Feuerzahn! Der hat bisher ganz gute Arbeit geleistet und dieses Brutalander ist... ...die Definition von nutzlos, aber aus irgendwelchen Gründen... ...haben sie alle das Bedürfnis, Brutalander anzugreifen! Oh, yes! Das erleichtert also mein Leben dennoch! Und Magnaien ist sowieso an dem Punkt komplett nutzlos! Au! Au! Das ist nicht so cool! Ich will nicht verwirrt sein! Komm schon, Bora! Bora, nein! Au! Das macht trotzdem nicht viel Schaden! Oh mein Gott! Hör doch auf! Dieser Kampf ist dämlich! Niemand... Weil dieses Brutalander kann doch angreifen! Warum machst du denn keinen richtigen Angriff? Warum machst du denn die ganze Zeit nichts, wenn du... Ach... Jochen ist nicht hilfreich! Jochen ist viele Dinge... ...aber der Hilfe ist keins davon! Holen wir doch den guten alten Zappelfill rein! Der wird uns schon helfen! Brutalander ist paralysiert! Oh, oh! Oh! Ey, ich glaube, das Brutalander wird nicht mehr lange leben! Ja, ja, ja! Ich glaube, Brutalander wird sich gut ergehen! So, Verbrennung schaltet Magnaien! Ähm... Machen wir eine Erdbeben! Ich will das Erdbeben hauptsächlich sowieso nur auf Magnaien machen! Und es wird auch nur Magnaien... Wobei, sollte Omut auch noch treffen! Omut ist, glaube ich, Käfer und Gift! Und nicht Käfer und Flug! Das war hervorragend! Wenn Brutalander jetzt noch einen Angriff hinbekommen würde, könnten wir das Magnaien direkt ausschalten! Aber was wird Brutalander tun? Oh Gott, das Magnaien! Das Pride! Das ist ziemlich cool! Oh, okay! Das macht Sinn, Kopfstoß! Warum nicht? Ein Ramaydon! Das könnte gefährlich sein, aber ich habe einen Erdbeben und dementsprechend bin ich relativ optimistisch! Dann wiederum wurde unsere Geschwindigkeit stark gesenkt! Was wird Ramaydon machen? Antikraft auf Brutalander, oder? Yeah! Yeah! Weg damit! Niemand braucht Brutalander! Niemand in diesem Kampf! Ich denke, dieses Erdbeben könnte stark genug sein, um direkt beide auszuschalten! Auf jeden Fall sind wir ein von beiden Trainern los! Und das erleichtert mein Leben ungemein! Auch Ramaydon hat viele KP! Mein Gott! Okay! Der gute Zappe Phil! Ich kann gar nicht sagen, was für gute Arbeit er gerade geleistet hat! Und ein Raikou! Passendes Ende! Können wir Jochen von diesem Kampf einfach disqualifizieren, oder so? Das ist doch... Was ist das überhaupt? Also ernsthaft! Warum, 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 warum bist du überhaupt hier? Warum bist du überhaupt hier, Jochen? Das ist doch Schwachsinn! Und... Das war Raikou! Der gute alte Zappe Phil und sein Erdbeben! Mit denen wollte ich nicht anlegen! Oh, weia! Ich hätte das Kämpfen lieber selbst übernehmen sollen! Du bist so stark geworden! Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance! Gegen den werde ich auch nicht kämpfen! Richtig? Pft! Gar nicht! Hab ich... Gar nicht! Hab ich geweint! Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst! Und jetzt reicht es uns nämlich! Wir zeigen es euch! Äh, um Pi Männlich! Ich helfe dir! Yes! Pokémon geheilt! Hey, um Pi Männlich! Äh, das wär's! Jetzt bist du dran! Wä... Wie? Er ist einfach... Warum... Ah, Jochen! Warum? Warum rennst du einfach weg? Ich hab gar nicht geweint! Und hat er gehört, dass der Boss noch stärker ist? Hat er gesagt, ey, um Pi Männlich! Ich hatte den Pokémon! Viel Erfolg! Du schaffst das! Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt! Nun wird alles enden! Und alles wird neu beginnen! Hiermit! Mit der roten Kette! Die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurden! Und hiermit! Mit der roten Kette! Die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte! Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension! Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln! Oh, das ist ziemlich cool! Oh, oh! Die Alga! Das mystische Pokémon! Meister der Zeit! Und das andere! Ich glaube, der Ebulator stirbt gerade ein bisschen fürs Protokoll! Bin mir noch nicht sicher! Oh, oh! Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Die Alga und Palkia! Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihre Form! Ja genau! Die beiden Elemente, über die ihr ihre Macht habt! Die werden mir gehorchen! Ihre Fähigkeiten werden mir gehören! Das hat noch nie geklappt! Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt! Unvollständig und hässlich ist unsere jetzige Welt! Höchste Zeit, dass sie verschwindet! Alles wird auf Null gesetzt! Nichts bleibt erhalten! Daraus wird die ultimative Welt geformt! Eine vollendete Welt! Vage, unvollendete Konzepte werden in ihr keinen Platz mehr haben! Oh, oh! Das ist super cool gemacht, ehrlich gesagt! Das hätte ich erahnen sollen! Selve, das wissende Wesen! Turbuns, das starke Wesen! Und Vesprik, das fühlende Wesen! Die Pokémon sind gekommen, um Sinn und zu beschützen? Wie lächerlich! Es braucht alle drei der Pokémon der Seen mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem der zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen! Gegen beide kommen alle drei aber nicht an! Nicht solange Pyke und Dialga zusammen anwesend sind! Alle Anstrengungen umsonst! Ihr habt euch umsonst angestrengt, hört ihr? Jetzt zu dir, MOP-Männlich! Von Anfang an hast du versucht, meine Pläne zu durchkreuzen, aber ich will dir vergeben! Schließlich wird bis zum Ende aller Zeit alles Leben ausgelöscht, wenn ich erst fertig bin! Jeder Hau von Leben wird aus dieser Welt gerissen! Von dir, von deinem Pokémon, von allen, die dir lieb und teuer sind! Es ist Zeit! Mein Traum wird zu meiner Wahrheit! Ich verspüre einen seltsamen Druck! Etwas ist wütend! Oh, oh! Oh, oh! Es ist die Platinedition! Jemand hat den Teufel gerufen! Höchst interessant! Es gibt also ein Pokémon, das sich nur als Schatten manifestieren kann! Aber das ist jetzt auch egal! Jeglicher Widerstand wäre töricht! Ich habe mir die Kräfte von D.I.G. und Pike jetzt zu eigen gemacht! Oh, das ist... Das ist... Stell es dir so einfach vor, befürchte ich! Niemand kann mir! Cyrus! Nun... Nein! Hm. Viel Erfolg da drin! Will ich einfach nur sagen! Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat! Ich glaube aber, das Studieren der Mythen hat mich nun endlich zu einer Antwort geführt! Als diese Welt geschaffen wurde, erschienen Dialga und Palkia! Doch erschien zu jener Zeit offenbar ein weiteres Pokémon! Ein Pokémon von einer Macht wie die von Dialga und Palkia zusammen! Das Name jedoch nie erwähnt werden durfte! Giratina! Man munkelt, es lauere in einer anderen Welt! Das Gegenstück zur unsrigen! Das muss also dieser Schatten gewesen sein! Das war Giratina! Die Säulen verzerren sich! Der Grund ist jenes Portal! Es verbindet uns mit einer anderen Welt! Wenn es nicht geschlossen wird, wird die Verzerrung sich bis nach Sinnoh und noch weiter ausbreiten! Unsere Welt wurde zerstört! Brechen wir auf! Wir müssen Cyrus hinterher! Yeah! Wir müssen uns beeilen! Wow! Wo sind wir nur hingeraten? Dieser Ort! Fühlst du es? Hier gibt es keine Pokémon! Zeit steht still und der Raum ist instabil! Yeah! Das kenne ich! Eine Welt, in der die Regeln von Raum und Zeit gebrochen werden! Ein Raum, den man Zerrwelt nennen könnte! Lass uns Giratina finden! Wir müssen die Ausbreitung der Instabilität von Zeit und Raum an der Sperrsäule verhindern! Das war Giratina! Wir müssen uns beeilen! Wenn die Stelle etwas getan wird, wird diese Instabilität nicht nur unsere Welt verschlingen! Sie wird auch die Zerrwelt verschütten! Dann gehe ich schon mal besser ohne mich vor! Okay! Also, die Sache der Zerrwelt ist, die Schwerkraft ist hier nur bedingt hoch! Und da wachsen Bäume, wie ich sehe! Man kann über dieses ganze Zeug rüberhüpfen! Diese Plattform aus Stein! Sie bewegt sich, wenn du auf eine bestimmte Stelle trittst! Woher weißt du das alles? Warst du schon mal hier? Hast du es auch im Buch gelesen? Von der Plattform, die sich bewegt, wenn man auf eine gewisse Stelle tritt! Ob wir uns Giratina treffen, wenn wir weiter nach unten gehen? In der Zerrwelt bewegen wir uns dann auch wirklich nach unten? Nein, unten ist relativ! Wir bewegen uns auf jeden Fall in irgendeine Richtung! Und im Idealfall werden wir uns Giratina nähern! Das ist aber eine super coole Stelle! Schau euch das an! Spie! Willst du mal so sagen, ich sollte auf diese Stelle am Boden treten? Oh, die Zerrwelt! Oh, das ist so cool! Ich war ja bisher sonst nur einmal fürs Protokoll, weil ich nur einmal Platin durchgespielt habe! Oh, da vorne sind die ja irgendwo an der Seite! Ah, wo wollen wir hin? Nach links! Was, wenn ich nach rechts gehen würde? Okay! Finden wir vielleicht später heraus! Oh, es funktioniert nur ein Schalter! Nein! Das ist generell einfach nur falsch! Okay! Dann gehe ich wohl mal nach vorn! Ich glaube, wir sollten versuchen, zu Sinti rüber zu gehen! Gott, das sieht so cool aus! Vor allem, der Effekt funktioniert nicht so ganz, dadurch, dass man 2D-Sprite hat, aber irgendwie das Gefühl, dass es dadurch noch viel cooler ist! Die Legende von Giratina ist in Vergessenheit geraten! Nur wenige kennen sie noch! Die Legende erzählt von einer Welt! Auf der anderen Seite unserer Welt! Sie erzählt von dieser Welt hier! Warum diese Welt überhaupt existiert? Warum Giratina hier ganz allein ist? Es gibt so viele Dinge, die man nicht einfach so erklären kann! Aber wir haben zu tun! Tellen wir uns auf! Es muss uns gelingen, den richtigen Weg zu finden! Würdest du also sagen, das ist jetzt so eine Art Hölle? Was sich wirklich Sinn ergibt, weil... Ich weiß, haben sie nicht allzu viele christliche Figuren und sowas im Konzept! Und das christliche Konzept von dem Moment ist ja weniger eine Sache in Pokémon, aber... Keine Ahnung, womit es eventuell von deren Glauben oder so zusammenhängen könnte! Aber das ist irgendeine Teufelgestalt! Komm schon! Will ich da runter? Nach links! Wir kommen soweit auf jeden Fall noch irgendwie voran, aber... Ich weiß nicht, ob das noch richtig ist! Nein, das ist falsch! Oh Gott! Hm... Warte, könnte das ein bisschen dauern? Gehe ich nach rechts? Nein! Nach links? Oh, das sieht doch schon sehr viel richtiger aus! Oder komme ich von hier? Oh nein, ich bin mir gerade so unsicher! Ich weiß nicht mehr, von wo ich komme und wo ich überhaupt hingehen könnte und wo ich hin will! Wisst ihr was? Ich glaube, die Plattform ist richtig! So, halbwegs! Oh, der Boden erscheint vor uns! Oh, Cyrus, hallo! Das schattenhafte Pokémon ist nicht hier! Es hat mich jetzt zurückgelassen! Und ist weiter unten dann verschwunden! Und es... Äh, warst wirklich damit zufrieden? Mich einfach nur bei der Ausführung meines Plans zu stören! Übrigens, kennst du dich eigentlich mit dem Einfluss von, äh... Genen aus? Nein? Nein, natürlich nicht! Wie solltest du auch? Gene stellen den Bauplan aller Lebensformen dar! Das schließt Menschen ebenso wie Pokémon ein! Die Gene befinden sich in der DNS! Diese DNS besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Strängen! Echt, ich weiß nicht ganz, was ihr wirklich versucht in diesem Spiel hier gerade zu erzählen! Neben eurer Raum- und Zeitsache und jetzt... Was macht? Was erzählt ihr hier? Sie sind so miteinander verbunden, dass sie eine Spirale bilden! Jeder Strang besitzt Basen, die über Wasserstoffbrücken miteinander verbunden sind! Kein Strang und keine Base kann ohne die gegenüberliegende Seite existieren! Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir befinden uns hier in einer bizarren Welt! Die Zeit steht still und der Raum ist instabil! Nur das schattenhafte Pokémon lebt hier! Diese Welt existiert auf der gegenüberliegenden Seite unserer Welt! Du willst sagen, dass die andere Seite von dir den Arschstrang oder was? In unserer Welt ist es die, die ich ändern will! Ohne die eine kann die andere Welt nicht existieren! Schattenhafte Pokémon muss da also eine Rolle dabei spielen, die beiden Welten im Gleichgewicht zu halten! Deswegen wird es mich in meinen Plänen gestört und hierher gebracht haben! Das schattenhafte Pokémon muss diese bizarre Welt geschaffen haben! Durch meinen Versuch, unsere Welt zu ändern, wurde es gestört und er trat in Erscheinung! Aber das alles spielt keine Rolle! Was wirklich zählt ist, dieses Pokémon zu besiegen und diese Welt verschwinden zu lassen! Ich werde nicht erlauben, dass es sich noch einmal meine Pläne einmischt! Es ist erst einmal verschwunden! Kann keiner der Welten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren! Warte, was wollte die ganze DNS... Was? Nein, ernsthaft! Was wollte er mir mit dem ganzen DNS-Vortrag erzählen? Ich bin so verwirrt! Und ich liebe diese Stelle! Es ist... Das ist keine Stelle, die man bei Pokémon heutzutage noch sehen würde! Das ist ein bisschen schade! So, wir können... Kann ich hier rüber? Nein, es verschwindet alles! Wir können hier rüber? Yeah! Wir müssen irgendwie unseren Weg zur Giratina finden! Ich freue mich, ob die Stelle im Remake auch vorkommen wird, aber... Ich meine, dass das, was aussieht, dass die Cervic nicht dabei sein wird! Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt, wenn ihr mich fragt! Ich glaube, ich will hier hin! Oh! Wo fahren wir hin? Und die wichtigste Frage, sind wir schon da? Ich glaube, wir sind bald da, ehrlich gesagt! Hallo! Okay, bis dann! Denke ich! Ein Pokémon könnte diesen Fels bewegen! Möchte Stärke einsetzen! Oh Gott! Oh nein! Wir müssen uns hier Rätseln stellen! Oh nein! Oh nein! Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber mal schauen! Vielleicht wird es nicht so übel, wie ich jetzt gerade denke! Ich denke, ich werde den Felsbock mal da reinkicken, wo gerade das Pokémon ist! Westsprit oder welches auch immer das Gelbe ist! Ich kann ihn nicht auseinanderhalten! Tut mir leid! Spreee! Ich vermute, es würde mir, äh, würde sagen, dass das richtig war! Hier geht's nicht weiter! Ich mag den, äh, ich mag die, äh, das kleine Detail ist, dass es einfach eine Welt ist, in der kein Leben existiert, außer ein einziges! Und das ist Giratina! Oh, und sind hier! Das ist ein Ort! Es ist wie ein riesiges Puzzle! Wie ein Rätsel! Vielleicht testet Giratina so jene, welche hierher kommen! Und es scheint, als ob wir diesen Ort nicht eher verlassen können, äh, als bis wir diese Rätsel gelöst haben! Es gibt einige Fels, die sich bewegen lassen! Und da sind so komische Gruben im Boden! Die Pokémon, der Seen, möchten uns anscheinend unbedingt etwas zeigen! So viele Felsen sind das nicht, die man bewegen kann! Ich hab jetzt ja nur einen gesehen! Gibt's noch mehr irgendwo? Will ich nochmal nach oben fahren? Äh, gibt's hier noch mehr Felsen? Nein! Äh... Vielleicht kann ich da hinspringen, aber... Oh, hier kann ich rüber! Okay! Hallo! Den Felsen? Darunter! Verstanden! Dann haben wir doch den zweiten Felsen gefunden! Nochmal Stärke aktivieren, das ist okay! Und ich schätze den dritten Felsen finde ich, indem ich nochmal komplett außenrum gehe! Aber man hat sogar gesehen, wie er da runtergeflogen ist! Das war ziemlich cool! Ich weiß nicht, warum ich mich darüber freue, aber es war ein nettes kleines Detail, okay! Äh, hier rüber! Oh oh! Oh nein! Oh nein! Oh, das gefällt! Hm... Ah Gott! Das gefällt mir überhaupt nicht! Die Bäume verschwinden und da ist ein riesiger... Da ist ein riesiges Monster im Himmel unterwegs! Warum verschwinden die Bäume? Ich kann so nicht rüber! Ich kann hier oben aber weiter entlang! Oh! Sie verschwindet weiter! Okay, gehen wir hier hin! Da hoffe ich weiter nach oben zu fahren! Ich will nicht weiter nach oben! Wir müssen doch irgendwie wieder nach unten! Das ist nicht gut! Das verschwindet! Da unten ist nichts! Da kann ich nach oben! Das heißt, hier kann ich nach rechts! Oh! Hier wieder nach oben! Äh, ich weiß nicht wirklich, wo ich hier gerade hingehe, aber... Ich schätze, das ist euch auch schon aufgefallen an dem Punkt! Okay, hier scheint es erstmal nicht weiter zu gehen! Das heißt, ich will zurück! Und hier rechts rüber und dann... Okay, es geht wieder nach unten! Oh mein Gott, das hat mich wenigstens nicht nach oben gefahren! Was ist mit Cyrus überhaupt? Was läuft er so... ...voller Freude hin und her? Wo ist Cyrus hin? Ach! Cyrus! Ich habe dich genau gesehen! Oh Gott! Oh Gott! Ich denke, ich surfe hier mal den Wasserfall nach unten! So, jemand braucht gar nicht Kaskade! Es funktioniert doch alles so! Das ist sehr verwirrend, aber sehr cool! Muss ich fairerweise sagen! Und hey, da drüben ist der Felsen, der noch fehlt! Und du würdest also sagen, der Felsen da runter! Richtig! Okay! Dann machen wir das mal! Puh! Das war nochmal eine ganz schön große Runde, die wir gedreht haben! Warum war Cyrus auf dem einen Teil zu sehen und dann auf einmal nicht mehr? Das war ein bisschen verdächtig, ehrlich gesagt! Wenn ich das mal so sagen darf! Okay, das kommt hier links rein! Ich meine, ich schätze es da rein zu kicken, wo das Pokémon ist, ist richtig! Spiu! Danke, Two Boots! Und links! Okay! Das war Nummer 3! Spi! Aber was passiert jetzt? Sind hier! Ich vermute die Pokémon jetzt sehen! Äh, aha! Wir haben keine Zeit, ja stundenlang zu reden! Oh, sie hat was Neues erzählt! Ups! Oh, und jetzt sind wir drei vereint! Was machen wir jetzt Schönes? Hat jemand eine Kamera dabei? Ist ja... Stell dir mal, wie vor jemand hat eine Kamera dabei gehabt, ob man Fotos machen kann! Wäre das nicht cool gewesen? Wir haben es geschafft! Vor uns ist Giratina! Oh, und Cyrus? Du bist also schon hier! Warum willst du die Welt unbedingt verändern? Wenn du die Welt so sehr hasst, dann such dir doch einfach eine einsame Ecke! Such dir einen Ort, an dem du einsam leben kannst! An dem du niemanden um dich herum hast! Warum sollte ich mich vor der Welt verstecken und einfach nur sitzen und warten? Ich will die Welt von der, ähm... Von der vage und unvollständigen Vorstellung von Geist und Verstand befreien! Nur so kann unsere Welt wieder vollständig werden! Das ist meine Gerechtigkeit! Und keiner wird mich aufhalten! Hallo? Ich? Ich werde nicht verlieren! Nicht gegen ein schattenhaftes Pokémon! Nicht in einer wertlosen Welt! Oh Gott! Warum kämpfe ich gegen ihn und nicht Cynthia? Warum kämpfe ich gegen den Typ und nicht der Champ? Aber okay! Fünf Pokémon! Oh Gott! Wir fangen also direkt, äh... An, ohne, ähm... Was dem Zufall zu überlassen! Feuerzahn! Eisenabwehr ist ein bisschen nervig, zugegeben, aber... Diesen Metacross kann kein Erdbeben! Das ist das Einzige, was für mich in der Situation von Bedeutung ist! Ich meine, Feuerzahn macht nicht viel Schaden, aber es brennt! Ich glaube, es brennt! Oh, warum? Warum muss das jetzt sein? Ich meine, die gute Sache ist, dass wir es verbrannt haben! Ich schätze, er wird da wahrscheinlich Top-Genesung einsetzen! Wenn er das gemacht hat, muss ich auf jeden Fall auf den Pokémon gehen, dass... Oh, er hat einen Kampfangriff! Dass er einen Spezialangriff hat! Senkt die Initiative! Aber warte, mir fällt gerade auf, äh, sein Angriff ist halbiert, oder... Der Schaden in den Hausten, wie auch immer! Und zwar trotzdem noch... Das ist die Top-Genesung! Und zwar trotzdem noch so viel Schaden! So, jetzt haben wir ein Problem! Wenn, äh, Metacross sich direkt nochmal verbrennt! Und es verbrennt direkt nicht nochmal! Ähm, ich weiß auch nicht, wer... Sonsten was gegen die Metacross... Äh, so spontan machen kann! Auf jeden Fall, dass es nochmal verbrennt! Das ist der Hammerarm! Und der Hammerarm macht Schaden! Okay! Okay! Der Hammerarm macht, äh... Viel Schaden! Wahrscheinlich hätte ich es ausrechnen können, zugegeben, aber... Nee, ich hab nicht so weit gedacht! Warum bin ich nicht direkt zu... Äh... Ach ja, es hat hohe... Weißt du was, weißt du was? Dieses Spiel können auch zwei spielen! Und so ging Bora letztendlich doch noch von... Äh, von uns! Wegen einem Metacross, welches einfach... Viel zu viel Schaden mit dem Hammerarm austeilt! Also wirklich! Gott! Ah ja, bei genauer Überlegung... Es hat mit dem ersten Angriff 54 Schaden gemacht! Und dann, als die Verbrennung weg war... Klar hat es dann, äh, mehr als 90 gemacht! Das Problem ist, es macht mir mehr Schaden, als ich ihm! Aber ich kann doch nicht auf Sitzbank oder so wechseln, weil der Hammerarm einfach viel zu gefährlich ist! Die gute Sache ist aber, dass, äh... Metacross scheinbar gerade... Äh... Irgendwo... Einen technischen Defekt hat und einfach nur noch Agilität einsetzt! Und der ist ja leicht an unser Leben! Erdbeben! Oh mein Gott! Warum ging der Hammerarm vorhin eigentlich nicht daneben? Ah, das stört mich! Das stört mich! Ich meine, einmal... Der Hammerarm jetzt noch getroffen! Initiative sinkt! Ganz erstaunlich, dass es trotzdem auch noch schneller als ich war, aus irgendwelchen Gründen! Obwohl vorhin schon, äh... Mindestens zweimal die Initiative gesunken ist! Warum ist es schneller als mein, äh... Metacross? Ah! Unglänglich immer Anfang für den Kampf! Vor allem, weil wir ein Pokémon verloren haben, was nicht gut ist! Aber der Hammerarm ist halt... Oh, da ist die Agilität! Ich weiß auch nicht, was ich gegen den... Oh, es hat Agilität zweimal eingesetzt! Ich weiß nicht, was ich gegen den Hammerarm, äh... Sagen kann es halt... Es war halt einfach so stark! Es gibt nicht wirklich viel, was ich dagegen irgendwie hätte machen können! Da ich Eisenabwehr eingesetzt habe, mache ich mir um Krabbums jetzt nicht allzu viele Sorgen! Und da geht unser Bonus der Eisenabwehr dahin! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Ähm... Wir wechseln zu Strammermax zurück! Denn Krabbums sollte nichts gegen Strammermax auf der Hand haben! Ja, 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 ja! Okay, 15 KP Schaden! Psychokinese! Wie viel Schaden machen wir? Es sollte fast reichen, um zu killen! Aber es reicht ganz! Sehr schön! Meine Spezialverteidigung wurde auch um eine Stufe gesenkt! Warum hat er alle... Hat er einfach nur mein Team? Ist das der Witz dahinter? Also, ist es? Ich kann darüber nicht lachen! Psychokinese! Uh, der Knie hat schwer, wie viel Schaden macht er? Mehr, als ich mir wünschen würde! Vor allem ist es schneller als mein, ähm... Strammermax! Ah, ich würde fast sagen, wir bleiben erstmal bei Strammermax, denn... Ja, die Verteidigung, die wir benötigen... Ich werde gleich noch eine Eisenabwehr einsetzen! Und dann sollte nicht so viel schief gehen können! Diese Plagatus hat er auch schon wieder so gefährlich! Das Problem ist, es hat mit Sicherheit noch Eiszahn drauf! Deswegen will ich auch nicht zu Baldrian wechseln! Wir machen trotzdem Eisenabwehr! Aber wenn es dann neben dem Pupperscheidig nicht unbedingt nötig wäre, aber... Also, es könnte hilfreich sein! Psychokineser! Warum ist diese Begate überhaupt so schnell? Irgendwie auch immer! Sollte gleich tot sein! Es überlebt jeden Angriff! Oh, jetzt ist Sturzwache aktiviert! Okay! Huh! Jetzt hat sich... Oh mein Gott! Jetzt hat sich dagegen entschieden, einen Wasserangriff zu machen! Oh mein Gott! Ninjaturm! Ähm... Okay, Baldrian, okay! Wollte ich jetzt sagen, das könnte ein Ripped sein, aber Baldrian hat Antikkraft! Huh! Ninjaturm ist immer wieder ein, äh... Spaßiges Pokémon! Denn, wenn man Pech hat, kann man es einfach nicht besiegen! Ist auch noch so schnell, aber es macht mehr... Ah ja, Spezialverträgen von Baldrian war ziemlich mies! Und da geht dann einer KP dahin in die Atom! Okay, noch ein Pokémon übrig! Das ist auch noch eins, oder? Yeah! Traunmagiel! Ich gebe zu, dass du mich an eine Grenze gebracht hast! Traunmagiel, Geist-Pokémon, hat bestimmt unangenehme Angriffe! Ich würde sagen, der alte Zappel-Philip wird den Job übernehmen! Woll, Schluckfeil! Hast du Schwebe! Fangen wir... Eula! Vielleicht hat Traunmagiel auch einfach keine Angriffe! Es hat Schwebe! Okay! Ich dachte, es wäre vielleicht... ...ist ja eine andere Fähigkeit, aber okay! Zwiebel ist sowieso relativ schwach! Ja, okay! Dieses Traunmagiel sollte nicht die größten Probleme machen! Oh, wir können uns nebenbei noch ein bisschen heilen, um ganze 4 KP! Segel-Sang scheint wirklich schlecht zu sein, irgendwie! Es sind einfach nur entsetzlich schlechte Überreste, die nie die volle Heilung machen! Oh Gott! Die Zähkraft war ja gerade ganz voll! Beziehungsweise Zähwelle! Oh, yes! Oh, yes! Dass das kann und darf nicht wahr sein, die Niederlage ist unmöglich, denn Pokémon ist gefroren! Aufgetaut! Egal, es hat Groll eingesetzt! Das bedeutet... Es sollte nicht mehr wirklich in der Lage sein, auch wenn die Zwiebel super stark wird... ...sollte sie nicht ausreichen, um Zappel-Phil noch auszuschalten! Oh, natürlich hat er Top-Genesung! Warum, warum bin ich überhaupt überrascht? Also noch eine! Da habe ich gerade froh sein, dass er bei Metacross nicht noch eine eingesetzt hat! Wir machen Eis-Zahn, bis wir keine AP mehr haben und dann wechseln wir zur Sitzbank und erledigen den Rest! Ich denke, ich wechsle jetzt nicht zur Sitzbank und erledige den Rest! In Sinsbank wird mit einer Lage jetzt ziemlich kurz Prozess machen und ich weiß nicht, wie viel Zappel-Phil noch aushalten wird! Okay, Sitzbank! Es ist an der Zeit! Ah, die Psi-Welle macht mehr Schaden, als ich mehr wünsche mir! Aber ich schaue mich an, wie viel die Überreste direkt aufheilen! So viel besser als das andere! Mein Gott, als Segesang! Hege keinen Groll! Denn deine Leiden sind vorbei, Traunmagiel! Level 45 für Zappel-Phil! Oh mein Gott, dieser Kampf! Ich kann das nicht akzeptieren, das darf einfach nicht wahr sein! Nicht nach all den Opfern, die wir hierfür gebracht haben! Was wird aus meiner neuen Welt, aus meiner neuen Galaxie? War das alles nur ein Traum, der irgendwas wird? Glaubt ihr ja nicht, ihr könntet dieses Pokémon so einfach besiegen oder fangen! Diese bizarre Welt ist nichts anderes als das Pokémon selbst! Es zu fangen oder zu besiegen, heißt diese Welt verschwinden zu lassen! Also gut, macht was ihr wollt! Statt die Welt zu reparieren, werdet ihr sie für mich zerstören! Na los, macht schon, ihr seid meine Erben! Du darfst deinen Lügen nicht glauben! Es ist nicht möglich, dass ein Pokémon die Welt verschwinden lassen kann! Die Welt hat auf dich gewartet! Und nicht nur auf dich, auch auf deine Pokémon! Und auf diejenigen, die dir nahe stehen! All diese Pokémon, all diese Menschen wurden geboren, weil sie eine Rolle in dieser Welt spielen sollten! Davon bin ich überzeugt! Die Giratina wird auch weiterhin existieren! Die Zerrwelt wird nicht verschwinden! Doch unsere Welt wird bleiben! Lass uns die Giratina treffen! Oh, ihr solltet mich jetzt mal um deine Pokémon kümmern! Ja, eins davon darfst du nicht aufheilen, streng genommen! Die Giratina ist wütend, da sich beide Welten in Gefahr befinden! In der Sperrsäule hat es die Zerrwelt mit unserer Welt verschmolzen! Und nun werden aus beiden Welten bizarre Welten! Aber es gibt keinen Grund, sich zu fürchten! Du kannst die Giratina besiegen und ihm das enge Band, das sich mit deinem Pokémon verbindet, zeigen! Oder du kannst ihm zeigen, wie sehr du dir wünschst, dass es sich dir anschließt! Wenn du eines von beiden verschaffst, wird die Giratina dich verstehen! Und die Verwindung der beiden Welten wird aufhören! Ich fürchte, Bohrer darf nicht an der ersten Stelle sein! Diesen Platz nimmt Sitzbank ein! Guck, 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 wo? Oh, ich dachte, da kommt jetzt der Kampf! Giratina! Ich bin bereit, mich dir zu stellen! Oh, oh! Oh, es ist die Zerrweltform von Giratina! Die war neu in Platin! Giratina betrachtet MOP männlich ruhig! Ja, wie zu betrachten! Oh, oh! Das Lied! Das ist ein Hit! Die Frage ist, was wollen wir machen? Wollen wir es fangen oder wollen wir es töten? Es gibt nur einen Weg, was mit Giratina zu tun ist! Giratina muss gehen! Außer es macht viel Spiegelwerflichen Meisterball! Ich will der Musik lauschen! Yeah! Oh, dieses Lied ist ein absoluter Hit! Oh! Oh, gefroren! Wie das Zeug aus meinem Kühlschrank, als ich ihn wärmer stellen wollte, aber ihn versehentlich kälter gestellt habe! Da war eine Gurke drin! Als ich ihn wieder auf Wärme gestellt habe, ist sie dann komplett weich und matschig geworden und hat Gurkenwasser verloren! Das war erschreckend! Und Giratina geht es gerade ganz ähnlich! Ich meine, die Zerrwelt ist schon ziemlich finster, oder? Oder? Naja, nein, nicht wirklich! Eingefroren! Yes! Sitzbank heilt sich auf! Sehr schön! Das ist ein Lied! Das ist ein Hit! Was haben wir sonst noch? Timerball, Premierball, Tauchball, Meisterball, Flottball? Machen wir einen Hyperball! Ein guter alter Hyperball! Ich meine, wir haben einen Peike gefangen! Wie schwer kann die Giratina da sein? Schwerer, wie es aussieht! Es ist immer noch eingefroren! Komm schon! Der Hyperball! Bleibt drin! Runter B! Oh, das hat Pech gebracht! Das war keine gute Idee! Ich liebe es, dass es einfach für immer eingefroren ist, ab jetzt! Es wird nie wieder auftauen! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh! 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 Sehr und ehrlich! Ohne Meisterball! Gefangen! Oh! Giratina, der Rebell! Es wurde aufgrund seines Verhaltens verbannt! Aus der Zerwild schaut es auf die alte Welt! Oh ja, das klingt auch wieder mehr nach dem Teufel! Es kommt aus der Zerwild, also nennen wir es Zerwild! Nicht, dass es Sinn ergibt, aber keine Ahnung! Klingt wie Elvis, kommt aus der Zerwild! Zerwild hätte ich es nennen! Zerwild! Nein, das wäre seltsam auszusprechen! Wie auch immer! Giratina stellt, es verstanden zu haben! Dieses Pokémon! Das schattenhafte Pokémon wurde gefangen? Deine Handlung führt dazu, dass diese irrationale Welt auch weiterhin existieren wird! Wird es dadurch für mich unmöglich, eine neue Welt zu schaffen? Selbst wenn ich eine neue rote Kette herstellen würde, könnte es keine neue Welt geben! Warum nur? Warum willst du die beiden Welten unbedingt beschützen? Ich verstehe nicht ganz, wie die Welt ohne Giratina existieren kann, aber es spielt keine Rolle an dem Punkt! Ist der Geist so vage und unvollständig er ist, so wichtig für dich? Der Ort, an dem wir geboren wurden, die Zeit, die wir leben, unsere Sprachen, wir alle unterscheiden uns, aber die Anwesenheit von Pokémon verbindet uns! Wir teilen unser Leben mit den Pokémon und wir werden glücklicher! Denn in der Gemeinschaft sind wir so viel mehr als allein! Und weil wir zusammen mit anderen leben, sind wir in der Lage, gemeinsam zu kämpfen und Pokémon zu tauschen! Mit wem auch immer wir wollen! Sei still! Hau auf mit deinem Geschwafel! So rechtfertigst du also Geist und Verstand als etwas Reifes? Aber das ist nur das armselige Hoffen der Menschen, die sich der Illusionen geben, glücklich und sicher zu sein! Die Emotionen kochen in mir hoch! Wut, Hass, Frustration! Diese schlimmen Emotionen entstehen aufgrund meines mangelhaften Geistes! Aber genug! Wir werden uns niemals einig sein, aber ich verspreche euch eines! Ich werde die Geheimnisse dieser Welt aufdecken! Mit diesem Wissen werde ich dann meine eigene, vollkommene Welt erschaffen! Und eines Tages werdet ihr aufwachen und ihr seid in meiner Welt... Ist das eine... Was? Meiner Welt! Eine Welt ohne mangelhaften Geister! Warum sind wir denn in dieser Welt? Bleibt ihr hier! Nur weil es Traurigkeit gibt, können wir Glück empfinden! Das Ärger wird mit Gefühl geboren! Lasst uns nach Hause zurückkehren! Das Portal, bei dem es Giratina befand, sollte uns zurück in unsere Welt führen! Die Legende steht geschrieben, dass Giratina das Wesen auf der anderen Seite unserer Welt ist! Der leuchtet es ein, dass es auch eine Verbindung zu beiden Seiten haben muss! Glaubt ihr, Cyrus wird zu dem Giratina? Wenn er hier in dieser Welt bleibt, weil hier ist keins mehr drin! Und hier ist ein ganz klares... Hier ist ein ganz klares Machtvakuum, das irgendwie ausgeglichen werden muss! Ich meine, das wäre genau sein Ziel gewesen! Und dann könnte er das, was er gelernt und gesehen hat, umsetzen! Ich stelle mir vor, dass er das Giratina wird! Dort ist das Portal, bei dem sich Giratina befand! Möchtest du durch das Portal gehen? Yeah! Wir sind hier? Wir sind an der Scheidequelle! Sie soll ein Weg zu dem sein, was auf der anderen Seite ist! Und wird nicht von Giratina gesagt, das Leben in einer Welt gegenüber der unsrigen? Nun, das war jetzt aber sehr unhöflich von mir! M.O.P. Männlich, das war fantastisch! Du bist ein toller Trainer! Ich möchte dir im Namen von ganz Sinn und meinen Dank ausdrücken! Danke, M.O.P. Männlich! Oh, und vergiss nicht, Professor Aibe Bescheid zu sagen! Er hat sich Sorgen um dich gemacht! Geh doch mal bei ihm vorbei! Wo sind wir hier? Ich meine, wir sind wahrscheinlich an irgendeinem der Seen! Die Musik ist auf einmal so fröhlich! Ha! Das sollte definitiv einer der Seen sein! Denke ich! Das Wasser ist hier relativ niedrig! Ha! Und in die Höhle können wir nicht rein, weil sie davor steht! Gut, dann hauen wir mal ab von hier! Oh, das ist der eine Seen, an dem wir nicht waren! Aber da sind wir hingegangen! Das heißt, wir können ja wahrscheinlich sogar einen Pokémon fangen! Ich bin mir gerade echt unsicher! Können wir? Können wir nicht? Wo ist das? Frühlingspfad! Im Frühlingspfad waren wir auch nicht! Oh, der Frühlingspfad ist neu! Das heißt, wir können auch da drüben dann auch einen Pokémon fangen! Aber... So, was? Das werden wir nicht jetzt machen! Oh, wir sind direkt hier schon auf dem Weg! Ah, wir müssen zum PC! Wir müssen uns von einem gefallenen Freund verabschieden! Der leider nicht mit uns gehen konnte! Denn... Wir haben ihn in der Zerrwelt verloren, tragischerweise! Aber es heißt nicht, dass dieser gute Freund, Bora wird er genannt, nicht hervorragende Dienstige geleistet hat! Er hatte nur Wachstumsschwierigkeiten! Und ich habe das Gefühl, als er sich weiterentwickelt hat, war er nie wieder ganz der Alte! Ich würde fast sagen, er wurde ziemlich schlecht! Es tut mir leid, Bora! Es tut mir leid! Er wusste bald, dass es irgendwann passieren wird! Schauen wir uns den Zerrwitz doch mal eben an! Geist und Drache! Still und liebt Kämpfe! Ist einfach so stark! Unheilböen, Antikkraft, Drachenklaue und Schemenkraft! Uh, die ja angefertigt gefährlich werden können, habe ich das Gefühl! Aber gut! Ich würde sagen, das war eine aufregende Folge! Und beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg zur letzten Arena! Und dann sind wir auf dem Weg zu den Top 4! Puh! Das war aufregend! Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und ihr Zerrwitz so viel wie ich! Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen! Bis nächstes Mal und... Guten... Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nesok Challenge! Mensch... Äh, was wir zuerst machen? Sache, die mir nicht ganz bewusst war, aber... Ähm... Ja, wir können was mit dem Wasserstein anfangen! Habe ich Platz im Team gerade? Wir haben Platze! Oh, ja, ach ja, ach ja, ach ja! Äh, ja, ja! Moment! Beim letzten Mal war ja das ganze Finale! Ja, wir haben definitiv Platz im Team! Ähm... Ja, das lief nicht optimal! Auf jeden Fall können wir Doppel... Äh... Simicolon P weiterentwickeln! Denn Mushas entwickelt sich mit dem Wasserstein weiter! Weil, was ich mir nicht ganz bewusst war, aber... Das ist eine Sache! Dann schauen wir uns das Ganze doch mal eben an! Sobald ich den Wasserstein gefunden habe, was ein bisschen dauern kann, weil... Ich habe wirklich viele Items inzwischen bei mir! Vielleicht habe ich ein bisschen zu viele gefunden, aber ich... Ich habe auch keine Lust, sie abzulegen! Vor allem jetzt nicht! Sehe, wie viele es sind! Ich habe nicht ewig Zeit! So, dann wo ist der Wasser... Da ist der Wasserstein! Okay! Hey! Mushas entwickelt sich! Komm schon! Äh... 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 Ich meine, ich mag die Idee an Pinsir... Aber... Ähm... Ähm... Äh... 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 Ich glaube, das ist kein Pokémon, äh... Das wir im Team haben wollen, ehrlich gesagt! Wie sind die Stats? Hitzek legt er auf der Eien! Ich meine, der Angriff ist gut! Vielleicht will ich es im Team haben! Uh, die Angriffe sind mies! Ah, lass mich kurz auf Poké-Wiki nachschlagen! Ich sehe gerade, Pinsir lernt fast ausschließlich Kampfangriffe, ein paar Normalangriffe und nur einen einzigen Käferangriff! Was, äh... Bisschen wenig ist! Aber... Ach nein, wir haben schon Käfer-Pokémon! Nein! Ich wollte gerade sagen, aber ich würde es trotzdem gerne ins Team nehmen! Das würde ich auch, aber... Es hat halt null Vorzüge im Team! Muss man leider sagen! Äh... Wir legen es mal wieder ab! So, es gibt auf jeden Fall noch andere Pokémon, die wir fangen könnten! Beziehungsweise, es gibt auf jeden Fall noch mindestens eine Location, in der ich was fangen kann! Und das ist bei dem Radweg! Das Problem ist nur, äh... Der Radweg ist ein paar Meter entfernt von hier! Ähm... Lass mich mal schauen, wo er genau ist, okay? Denn ich bin mir dann nicht so sicher! Den Teil der Karte haben wir nicht allzu oft aufgesucht! Das war... Ich glaube, es war hier! Ich glaube, Richtung... Ich glaube, bei ewig genau Richtung Erzelingen müsste es gewesen sein! Dementsprechend würde ich sagen, ich werde dann mal... Zu Fuß rüberlaufen, offscreen! Mit meinen Füßen und ohne Flügel! Oh, ich bin zu Fuß nach Erzelingen gelaufen! Ohne Zugang zu irgendwelchen Flügeln! Mann! Da war ich aber lange unterwegs! Haha! Äh... Fahrrad! Ich vermute, der Radweg war hier oben! Ich bin mir gerade echt nicht sicher! Ich weiß noch nicht, wo er sonst sein könnte, ehrlich gesagt! Doch, das war hier! Wir brauchen jetzt Zerschneider! Wir brauchen Zerschneider! Äh... Moment! Kabum kann kein Zerschneider lernen! Äh... Äh... Ich denke, Olive wird ein gutes Zerschneider-Pokémon sein! Schätze ich! Also gut! Zerschneide den Baum! Moment! Ist das hier eigentlich schon die neue Route? Moment! Route 207! Route 206! Route 206 sollte... Neu sein! Die dürfte ansonsten nur der Radweg gewesen sein! Und ich vermute, da habe ich nichts gefangen! Das heißt, uns steht ein netter Encounter bevor! Und eventuell können wir sogar noch in die Höhle da weiter fahren! Und ich meine... Das wären coole neue Pokémon soweit! Oh, das ist so ein cooler Weg, um hier entlang zu laufen! Eine Perle! Ich bin keine dumme Perle! Ich bin ein gutes Item! Aber gut! Was bekommen wir? Schade, Schokolade! Aber wir... Oh, das ist jetzt seltsam! Ähm... Wir gehen einfach mal weiter! Das war eine sehr seltsame Begegnung an der Stelle! Deswegen versuchen wir jetzt ganz einfach, weiteres Gehen zu ignorieren! Oh, Mensch! Ein Papunga! Da freue ich mich aber sehr darüber! Denn Papunga ist ein sehr gutes Pokémon, mit dem wir auf jeden Fall eine Menge anfangen können! Äh... Diesmal werde ich aber dran denken, den Flottball zu werfen! Äh... Ja, cool! Ähm... Müssen wir es überhaupt fangen? Kann ich es auch einfach besiegen? Ich meine, es ist Papunga! Es gibt kein Szenario, in dem uns das jemals an dem Punkt des Spiels noch weiterhilft! Hm-hm! Ich kann es auf jeden Fall nicht wirklich schwächen! Äh... Ich werfe den Hyperball! Bleib drin! Bitte! Ich will ihn nicht wirklich! Ja, ich will jetzt auch nicht viel Zeit ver... Muss das jetzt sein? Oh, es ist direkt dem Ball danach drin geblieben! Okay! So muss sich wenigstens keine weitere Zeit mit Papunga verschwenden! Ist es nicht auch schon mal etwas? Äh... Papunga! Papunga! Es lässt sich von dem Wind um den Globus tragen und verteilt auf seinem Flug, äh... Baumwollsamen! Okay, ähm... Äh... Dann nennen wir dich... Wolfgang... Ich weiß, dass es ein weibliches Pokémon ist, aber komm schon, Wolfgang ist einfach nur ein cleverer Name für ein Baumwoll-Pokémon, okay? Ich würde Wolfgang fast gerne ins Team nehmen für den Namen, aber... Hm... Wenn ihr wenigstens fliegen lernen könnt, dann könnte ich sagen, ja... Wir können drüber nachdenken, aber es kann halt wirklich nichts und... Knilz wäre super cool gewesen, denn das kann sich doch weiterentwickeln! Und wer weiß, was wir da noch bekommen hätten, aber okay! Okay! Nicht jeder kann Gewinner sein, daran müssen wir uns gewöhnen! Ich glaube, ich könnte doch in irgendeiner Stadt ein Pokémon fangen, ich weiß nicht, mit welcher! Eine Eipfelbäre! Wir werden sowieso dann auch gleich auf eine neue Route kommen, wo wir noch was mitnehmen können! Der sei also ganz nett! Hauptsächlich würde ich ganz gerne auf, ähm, im Idealfall 5 Pokémon, äh, mit denen ich kämpfen kann, bis zu den Top 4 kommen! Ich habe jetzt hier übrigens auch nachgeschaut, weil ich das Level für die Top 4 ungefähr brauche! Und ich würde sagen, ich werde Level 53 dann für den Anfang der Top 4 anstreben! Ich denke, das ist fair! Äh, Synthias in der Edition, interessanterweise sind die Top 4 generell in dieser, ähm, Platin, nicht so gelevelt wie in Diamant und Perl! Was ich nicht wusste, ich dachte, in Diamant und Perl sind sie höher! Auf jeden Fall ist das stärkste Pokémon für uns sind hier auf Level 59! Und ich denke, wenn ich mit 53 dann starte, sollte das fair sein! Wir werden dann im Endeffekt nämlich immer noch niedriger sein! Ich denke nicht, dass irgendein Pokémon höher als 55, dann kommen wir mit dem Lauf der Top 4! Äh, gut! Wir müssen dafür natürlich auch erstmal zu den Top 4 kommen! Bizarre Höhle! Ich habe keinen Blitz! Oh, passt mal auf! Wir, äh, wir hoffangen unser Pokémon und dann sind wir raus! Magneien! Äh, ich mag den Gedanken daran, aber ich... Warum hast du keinen Bedroher? Ich schaue, ob es was lernen kann, okay? Denn wenn Magneien irgendwas cooles lernen kann, ja, ich bin bereit, ihm eine Chance zu geben, aber wenn es nichts cooles lernt, dann... Uh, schwierig! Schwierig, schwierig, schwierig! Ansonsten wäre es natürlich hier aktuell ein super guter Counter für Psyche- und Geist-Pokémon! Gegen welches ein wirklich guter Counter wäre! Also, mal schauen, ob wir damit was anfangen können! Und hey, wir haben Gelegenheit, den guten Finsterball mal wieder rauszukramen! Und diesmal sollte er auch wirklich funktionieren, da wir in der dunklen Höhle sind! Magneien! Bleibst du bitte im Pokéball? Das ist wirklich guter Schaden! Dafür, dass es gerade mal auf Level 8 ist! Wisst ihr was? Vielleicht, vielleicht ist Magneien Zeit! Magneien hatte ich, glaube ich, in einem Run auf Rubin mal trainiert, aber... Ey, ich habe absolut keine Ahnung! Vor allem war, glaube ich, damals Unlicht auch speziell und... Äh... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Generation 3 wirklich gut war, aber vielleicht in Generation 4! Ich weiß es einfach nicht! Ich weiß nur, dass die Jaule-Animation, dadurch, dass sein Kopf rechtsbündig ist, absolut broken ist! Ah ja, er ist halt Jaule eingesetzt, jetzt auch schon zweimal! Deswegen war der Biss so stark! Bleib einfach drin! Bleib einfach drin! Bleib einfach drin! Yes! Der ist guter, alter Magneien! Was sagt der Pokédex über dich aus, mein Hyänenfreund? BISS! Es jagt seinen Beutel im Rudel! Den Befehl eines erfahrenen Trainers wird sie stets folgen! Auf Magneien gab es auch ein New Pokémon Snap... Äh, ein Rudel davon, was ganz cool war! Ähm... Wolf bis Magneien... Ähm... Hm... Wir nennen es wie Magneien einfach nur Ney! Ney! Ich denke, das ist ein angemessener Name für ein weibliches Magneien! Finde ich recht, Ney! Nein? Ist okay! Also... Äh... Wir gehen zurück! Und dann schauen wir uns um! Und, äh... Oh ja, wir sehen uns durch den Schlei-Ede wieder! Ich werde dann mal zu Fuß rüberlaufen! Hehehe! Äh... Äh... Ich bin mir sicher, ein Trainer, der einen Groudon gefangen hat, der hatte einige interessante Geschichten zu erzählen! Das hat 840 Erfahrungspunkte gegeben! Das ist wirklich viel! Ein Lothurzel! Hm... Ja... Hm... Das ist, äh... Das ist keine ganz so aufregende Geschichte! Zugegeben! Ich kann hier auch Zerschneider einsetzen! Moment! Moment! Eine Magos-Bäre! Hm... Okay... Mir ist aber gerade noch eine Sache eingefallen! Bevor wir uns das Magnaien genauer anschauen! Und zwar haben wir hier noch einen Encounter offen! Wenn wir dahin gehen, wo ich ja von Cynthia aus der Zerrwelt rausgekickt wurde! Wo sie wahrscheinlich immer noch die Tür blockieren wird! Aber das ist auf jeden Fall ein neues Gebiet! Das heißt, da können wir definitiv auch noch was mitnehmen! Ich hab's aber im letzten Mal nicht getan, weil wir waren gerade mit der Zerrwelt fertig! Das hat dann meinen Nerven gezerrt! Versteht ihr? Das heißt, ich kann dann auch wieder zurück, oder? Yeah! Ja! Frühlingspfad scheint es leider nicht wirklich irgendwas zu finden geben! Ich weiß auch nicht ganz, wo mein eigenes Gebiet ist, ehrlich gesagt! Aber gut! Was haben wir hier? Ah! Nein! Oh Gott! Das ist keins der besten Pokémon, die es gibt! Oh, Ledian! Versteht mich nicht falsch! Ich mag Ledian! Ich denke, es ist ein cooles Pokémon! Aber es ist so dermaßen nutzlos! Schau euch das an! Das war ein Tempo-Heap! Das ist 5 Level unter Sitzbank! Wie kannst du wenig Schaden machen? Mal schauen, ob es Lark überlebt! Wenn es Lark überlebt, werde ich nochmal versuchen, es zu fangen! Und wenn nicht, dann soll es so sein! Okay! Es hat Lark jetzt sogar sehr viel besser überlebt, als ich gedacht habe! Vielleicht ist Ledian ja mehr ein defensiver Typ! Wir machen nochmal Lark her! Der ist halt immer noch mehr als die Hälfte seiner KP! Das heißt, wird sie immer noch überleben! Und dann werfen wir einen Netzball! Und dann haben wir unser liebstes Marienkäfer-Pokémon gefangen! Auf Platz... Mindest... Maximal Platz 2! Wollte gerade sagen, nach Ledyman! Das ist auch richtig! Aber es gibt dann noch so ein anderes Marienkäfer-Pokémon! Ich weiß nicht, wie es heißt! Ich glaube, es ist aus Schwert und Schild! Aber es existiert! Glaube ich! Ich kann es ja auch einbilden! Ich weiß nicht! Manchmal finde ich Pokémon einfach nur! Ledian wurde gefangen! Wie... Schön! 5 Punkt! Es zieht Energie aus dem Licht der Sterne! Je mehr Sterne zu sehen sind, desto größer ist der... Muster! Äh... Wir nennen dich, ähm... Ledig! Ledian! Ist ledig! Es wird auf jeden Fall nicht, äh... Mit mir zusammen im Team kämpfen können! Ah, ich schaue gerade das Muster von Magnaion an! Und, ähm... Ähm... Es ist kein Biss! Dann lernt es doch Gewissheit auf Level 32! Und, äh... Einen starken Unlichtangriff, den es überhaupt lernen wird! Der ist auf Level 62 mit Tiefschlag! Ähm... Der andere Unlicht-Bissangriff! Was ist das für ein Schwachsinn! Naja, ich fürchte Magnaion ist, ähm... Ich mag den Gedanken daran, aber... Was soll ich denn mit Pokémon machen, du hast keine Angriffe lernt? Das bringt mir doch nichts! Oh, und bevor ich weitergehe, sollte ich vielleicht noch ein paar, ähm... Items kaufen! Denn mein Vorrat ist... Empfindliche reduziert wurden! Wir haben genug Hyperbälle! Top-Schutz! Na, können wir ein paar mitnehmen! Hauptsächlich brauche ich aber ein paar Hypertränke, denn... Uh, ich habe das Gefühl, der Vorrat wurde etwas minimiert im Laufe der Zerrwelt! Und der auf dem Weg dahin! Sieben Stück! Wir hatten so viele! Jetzt habe ich nur noch sieben! Komm schon! Wie kann das überhaupt passieren? Lass mich noch ein paar Hyperheiler mitnehmen! Denn an dem Punkt bin ich zu geizig, um mich mit einzelnen Heilungs-Items auseinanderzusetzen! Weil ich habe jetzt so viel gekauft, wir haben immer noch so viel Geld übrig! Und jetzt gehen wir weiter! Und zwar sollten wir jetzt endlich hier entlang gehen können! Nennen... Was? Wie kann... Wie kann da immer noch... Was? Was wollt ihr denn von mir? Was? Ich gehe zu Cynthia und frage sie, was... Was hier vor sich geht, warum mich der Typ nicht durchlassen will! Was soll das denn? Ich muss da doch hin! Ey, Level 43 für Baldrian! Und Baldrian versucht Schlitzer zu lernen! Nein! Wir möchten keinen Schlitzer lernen! Denn dieser Angriff wird uns nicht viel bringen! Also, wir kraxeln nach oben! Glaube ich! Ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen muss! Und dann... Äh... Es sind hier... Gib mir einen Tipp! Gib mir einen Tipp, wo ich hin muss! Es ist zwei Tage her, seit ich zuletzt hier war! Ich weiß es nicht mehr! Hallo! Du sollst dich zu Professor Albe begeben! Oh! Okay! Dann gehe ich wohl mal... Zu Fuß zurück! Mann, das wird aber lange dauern, da ich zu Fuß gehen werde! Sandgämme! Hier waren wir lange nicht mehr! Gehen wir zum Professor! Ich meine, ich war wirklich lange nicht mehr in der Gegend! Herr Uppimendich, du bist wer hier! Und ich? Ich bin sprachlos! Du hast es geschafft! Du hast wirklich geschafft! Noch nie in meinen 60 Lebensjahren hat mein Herz so laut geschlagen wie heute! Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen, ehrlich gesagt! Der Professor hat eine Menge Dinge überprüft, nachdem du weg warst! Er hat sich große Sorgen um dich gemacht, Herr Uppimendich! Er hat uns... Was? Er hat sogar bekannt um Hilfe gebeten! Und jetzt? Herr Uppimendich, bin so froh, dich in Sicherheit zu sehen! Wir kommen zurück! Oh ja, da war noch etwas, was ich dir sagen wollte! Die drei Pokémon der Seen sind offenbar an ihre Ursprungsorte zurückgekehrt! Und nun erzähl, wie es dir gegangen ist! Der Pokédex! Oh, du hast 158 Einträge! Und wie viele Orden hast du? Sag bloß sieben Stück! Da bleibt ja nur noch die Arena in Sonneweg! So weit bist du schon gekommen! Wieso gehst du nicht nach Sonneweg und holst noch den Orden? Du kannst doch die Pokémon-Liga herausfordern! So erweiterst du deinen Horizont wie nie zuvor! Und bedenke, nur die neuen Pokémon, denen du auf deinem Weg begegnest! Was? Na, wie auch immer! Ähm... Ja, das war... Das ist auf jeden Fall wert! Und jetzt gehe ich wieder zu Fuß zurück! Und jetzt können wir endlich hier durch! Gibt es hier irgendwas? Hey, hey, was ist das? So in dieser Weg hier? Warum kann ich hier entlanglaufen, wenn es da nichts gibt? Vielleicht ist es ein Item irgendwo, aber... Egal, ehrlich gesagt! Egal, ehrlich gesagt! Route 222! Ich würde sagen, wir fangen erst mal unser Pokémon! Und schauen, was wir bekommen könnten! Oder eventuell nicht bekommen! Oder eventuell bekommen! Und wir bekommen eventuell Pupita! Äh... 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 Äußerst interessant! Pupita lernt fantastische Angriffe! Jedoch entwickelt es sich auch fantastisch spät erst weiter! Ähm... Ich weiß nicht, ob wir wirklich mit Pupita arbeiten können! Ob das wirklich hinhauen wird! Und ob es sich schlicht und greifend zu spät entwickeln wird! Aber wir werden sehen! Ich werde auf jeden Fall froh sein, es dabei zu haben! Okay? Es lernt halt so gute Angriffe! Es sollte halt jetzt auch schon Steinhaken und Erdbeben lernen! Wenn mich nicht alles täuscht! Aber es entwickelt sich auch erst auf Level 55! Das war die ganze Sache ein bisschen schwer! Und ich sehe gerade wieder immer noch eine große Gestein- und Bodenschwäche! Und natürlich auch Kampf! Ähm... Da haben wir Pupita auch keine Hilfe! Ich meine, so oder so noch keine Hilfe! Schlicht und ergreifend kein einzig starkes Pokémon zum Markt für den Zeitpunkt! Aber... Ich denke, es ist stark genug, um eine Metallklaue zu überleben! Habe ich recht, Pupita! Yeah! Yeah, das ist das... Was? Aber es ist Pupita! Es hat doch eine hohe Verteidigung! Es war eine Metallklaue, es ist nicht mal ein starker Angriff! Äh... Okay, ähm... Äh, ja, das, ähm... Ja, ja! Kannst du nicht entwickelt sein? Aber ich glaube, die Entwicklungen werden nur bei, äh... Trainern erzwungen! Nicht bei wilden Pokémon, aber... Äh, das gleiche noch für Pupita wollen, weil das nicht entwickelt! Warum kann ich hier hin? Aber ja, ähm... Das war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gesagt gestehen! Und dann, ähm... Gehen wir zu den Trainern über! Ein Plipper! Das sind doch gute Erfahrungspunkte für den alten Baldrian! Kriegt Baldrian? Macht den Ladest... Du musst aufhören, den Ladestrahl immer daneben zu schießen! Das passiert mir in letzter Zeit eindeutig zu oft! Manche hätte auch nichts dagegen, wenn Baldrian generell noch ein paar neue Angriffe lernen würde, aber... Die kommen erst, wenn wir Level 50 geknackt haben! Das ist das Problem an der Sache! Seht ihr? Da steigt der Spezialangriff! Manchmal steigt er durch, äh... Den Angriff, aber meistens scheint man nicht mehr! Ganz vorsichtig durchs hohe Gras! Okay! Ich muss diesem Trübschen, äh, entkommen! Du kannst mir Gesellschaft leisten! Dann würde ich sagen, es stehen noch ein paar Träne bevor! Und dann geht's zur letzten Arena! Frage, die wir uns an dem Punkt natürlich stellen könnten, ist... Will ich mit Baldrian gegen Schwalbers kämpfen? Die Antwort ist natürlich nein! Nein, das will ich nicht! Ah, die Frage, die wir uns stellen könnten, ist, äh... Was ist mein Ziel für diese Nasok-Challenge? Ich hab das Gefühl, wir haben dieses Ziel nie weiter, ähm... Erläutert oder so, und ich hab das Gefühl, wir nähern uns langsam dem achten Orde und... Und dann ernähren wir uns die Top 4 und sowas, und dementsprechend... Äh, sollten wir langsam mal erklären, wo ich überhaupt hin will! Was ist mein Ziel? Ab wann erkläre ich die Nasok-Challenge für... Ich mein, ich... Wann ich sie für gescheitert erkläre, ist ganz einfach das, wenn der Trainer feintet! Logik dahinter, für mich zumindest, ist, ähm... Wenn Pokémon bewusstlos werden, sind sie tot, dann sind sie raus! Das gleiche sollte auch mit dem Trainer passieren, versteht ihr? Ich mein, das ist soweit aber nichts Neues! Und Segesang hat grad eine Menge aufgefüllt! Was aber neu ist, ist natürlich, was unser Ziel ist! Und, ähm... Es gibt natürlich einiges an... Wir werden natürlich die Top 4 machen, keine Zweifel daran! Ich denke, darauf können wir uns alle einigen, dass da kein Weg dran vorbeiführt! Ähm... Die Frage ist, ob werden wir danach was machen? Es gibt auch ein bisschen Postgame, wir können die ganze Heatread-Route machen und sowas, aber... Ehrlich gesagt... Seht nicht wirklich viel, äh... Sinn für die Nassau-Challenge in dem Ganzen! Ich hab das Gefühl, wir werden... Nein, wir widerstehen den Bären! Ich denke, wir werden einfach, wie üblich, mit den Top 4 aufhören! Also, wenn der Champ gelegt ist, ist die Nassau-Challenge geschafft! Ich denke, das ist die... Das ist die ultimative Herausforderung und ein würdiger Abschluss für diese Challenge! Wenn ihr mich fragt! Und ich will nicht schon wieder gegen Metacross kämpfen! Das gefällt mir überhaupt nicht! Ähm... Wir wechseln zu strammer Marks und werden ein paar Erdbeben spammen! Ich hoffe, es kann noch nicht... Oh, das kann schon den Hammerarm! Oh, und da ist der Hammerarm! Obwohl er in dem Fall nicht mal Sinn ergeben hat! Im Kampf gegen, äh... Dingens! Aber gut! Es hat noch keine Eisenabwehr gemacht! Das heißt, mein Erdbeben sollte wirklich stark sein! Aber ja, äh... Der Champ, Sintia zu besiegen, ist mein Ziel für diese Nassau-Challenge! Na, gibt es noch Postgame-Zeug, aber ich denke nicht, dass es wirklich für die Challenge an sich interessant wäre! Und ich denke, ich lehne mich da nicht allzu weit aus dem Fenster! Der Champ ist ein guter Abschluss! Und hey, wir wurden mit dem Metacross diesmal wesentlich einfacher fertig als beim letzten Mal! Und es musste nicht mal ein Pokémon dran laufen! Ist das nicht fantastisch? Ich denke generell, es ist ganz gut, hier ein bisschen unterwegs zu sein, um einfach die Pokémon alle ein bisschen, äh... zu leveln! Apropos leveln! Ich habe auch mal nachgeschaut und... Der Arenaleiter von der nächsten Arena wird, äh... Sein stärkstes Pokémon wird auf Level 50 sein! Das heißt, wenn ich bis dahin, ähm... Na, wobei... Ich wollte gerade sagen, ich bis dahin 47 anschreiben kann, wäre das ganz gut! Aber 47 ist eigentlich auch echt nicht nötig! Das wäre schon fast ein bisschen Overkill! Aber ja, ich habe mir ein bisschen Level angeschaut von dem Zeug, das uns noch bevorsteht! Was denke ich an dem Punkt, die gute Entscheidung ist? Vor allem bei den Top 4, bei denen... Bei den Arenaleitern und sowas kann ich jederzeit zurück, wenn ich sage, hey, ich habe das Gefühl, ich bin zu niedrig gelevelt, aber... Oh, TM56! Nein, nein, das ist nicht Schleuder! Was ist TM56? Oh Gott, und da ist die Polizei! Verhaltet euch unauffällig! Dunkelklaue ein zweites Mal! Oh Gott! Ich dachte kurz, es wäre irgendwie... Was wäre das Schattenklaue oder sowas, womit der Magnaion was anfangen kann, aber na... Na, das ist die Dunkelklaue, das ist der Geistangriff! Damit kann Magnaion leider nichts anfangen! Was so schade ist, ich hätte Magnaion so gern gelevelt, aber... Warum lernt es auch nichts, was ihm irgendwas bringt? Warum lernt es kein Knirscher? Das ist doch so vergeultes Potenzial, ernsthaft! Magnaion sollte Knirscher lernen! Es sollte illegal sein, dass es kein Knirscher lernt! Es ergibt nicht mal Sinn, dass es keine lernen kann! Aber da ist Papunga! Dann wollen wir doch mal sehen, ob Papunga so stark ist, wie man sich auf den Straßen erzählt! Macht den Käferpiss, Gigasauger! Das ist klassischer Pflanzenangriff, der aber keine allzu große Wirkung erzielen wird! Ja, das ist ähm... Ich meine, es war sowohl gegen Käfer als auch gegen Flug nicht sehr effektiv, aber... Ich habe das Gefühl, es war trotzdem nicht viel Schaden! Äh, Antikkraft? Antikkraft sollte sehr effektiv sein! Vermute ich mal! Äh, Käferpiss und Antikkraft, da haben ungefähr gleich viel Schaden gemacht! Und ich habe die Fähigkeit im Somnia! Äh, danke schön! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass Baldrian eventuell einschlafen könnte, aber... Das mit dem Schlaf hat sich für Baldrian ein für alle Mal erledigt! Lazy Dudley! Äh, 176 Pokedollar! Das ist eine Frechheit! Pikachu-Fanclub! Pika, 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 Pika! Das sind gute Fragen! Was ist eigentlich hier für eine... Oh, das ist seltsam! Äh, ich versuche Pikachu-Champ... Pikachu-Champ zu werden! Nur mit Pikachu! Ah, ja! Okay, dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Erfolg bei deinem Vorhaben und lass dich, äh, nicht von mir ablenken! Okay, und das ist einfach nur ein Angler, der unzufrieden ist! Ein unzufriedener Angler? Was willst du mir als nächstes sagen? Das Wasser nass ist? Ja, das ist willig! Oh, der Funkelstein! Oh, der Funkelstein! Oh mein Gott! Los geht's! Zurück geht's! Wir können Roselia weiterentwickeln! Also gut! Roselia! Willkommen zurück! Wir wollen Roselia auf jeden Fall noch den Epithaler geben, bis es, äh... Oh, es hat Giftspitzen schon gelernt! Ich würde sagen, können wir direkt weiterentwickeln! Wir können natürlich noch auf Toxin gehen, aber... Ich denke, wenn wir Giftspitzen haben, haben wir nicht mehr wirklich einen Grund, auf Toxin zu gehen, ehrlich gesagt! Tut mir leid, du liebe! Okay! Dann kommt die Entwicklung, auf die wir lange gewartet haben! Der legendäre Funkelstein! Und wir haben lange darauf gewartet! Und ist das der richtige? Nein, das ist der falsche, oder? Moment, wir brauchen den Leuchtstein! Ach, komm schon! Was soll das auch? Was bringen sie in das Spiel den Leuchten und den Funkelstein rein? Als ob die irgendjemand auseinanderhalten könnte! Aber dafür können wir hier hochkraxeln! Und vielleicht gibt's hier irgendwas zu sehen! Im Item, im Idealfall, da hätte ich nichts gegen! Und bei dem Pokémon, da hätte ich ne Menge dagegen, ehrlich gesagt! Hey, so ein kleiner Trashy! Hallo, kleiner Müllmann! Eines Tages bist doch du ein mächtiges Slime-Ock! Und die Gegend verpesten! Wir lassen das zickzacks mal laufen! Gegenschlag! Also mal Gegenschlag! Vor allem mal Gegenschlag! Gut! Äh, ja, mh, mh, mh! Richtet mehr schade, wenn da eigene KP niedrig sind! Das ist natürlich ne hervorragende Voraussetzung für ne Nasog Challenge! Haha, niedrige KP zu haben! Äh, auch hallo an dich, kleiner Müllmann! Willkommen zurück auf Route 222! Können wir ja noch gegen die Angler kämpfen? Gut, dann würde ich sagen, wir stehen hier schlicht und greifend ein paar Erfahrungspunkte für das Hauptteam bevor! Weil es ja auch absolut keine verkehrte Sache ist! Ich habe das Gefühl, dass die sowieso, ähm, dazu neigen, dass sie gerne mal etwas zu kurz kommen! Und, äh, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Gelegenheiten, Pokémon zu fangen! Wir können in Sonnevik noch versuchen, einen zu fangen! Und in der Route nördlich von Sonnevik! Und dann natürlich gibt es auch die Siegestraße, welche eventuell was für uns haben wird! Also, wir haben übrigens keine Sorgen, dass wir nicht noch ein letztes Teammitglied finden werden! Oder zwei letzte Teammitglieder, je nachdem! Aber ich wäre schon zufrieden, wenn ich noch ein weiteres finden würde! Aber hoffen wir mal auf das Beste! Äh, noch, äh, bisher sieht es irgendwie so aus, ob ich nicht allzu viel Glück an der Front hätte! Ich hätte übrigens gerne Pupita mitgenommen fürs Protokoll! Es ist wahr, nur ich, ich dachte nur wirklich nicht, dass es eine Metallklau nicht überleben würde! Ich dachte, Pupita hatte gute Verteidigung! Ist das nicht sein Ding? Ist das nicht ein Kokon-Pokémon? Bestimmt ist einfach dann der Metallklau, ist nicht mal ein starker Angriff! Oh, und natürlich ein weiteres Tornupto! Wer ja auch nicht diese Randomizer nassert, wenn wir nicht noch ein weiteres Tornupto hätten! Was ist das jetzt an dem Punkt Nummer 12 oder so? Wir haben so viele Tornupto gesehen! Es ist wirklich langsam alt! Also wirklich, wirklich, wirklich! Können wir nicht wenigstens ein anderes Starter-Pokémon mal öfter sehen oder so? Vor allem gibt es auch noch viele Pokémon, die wir noch nie gesehen haben! Vor allem viele Starter-Pokémon! Was, ich kann mich nicht erinnern, dass wir... Haben wir einen Zumpax gesehen? Ich glaube nicht! Wir haben Morabbel gesehen! Vielleicht die Drupia! Ich glaube, wir hatten keinen Zumpax zum Beispiel! Und einen Turtok ebenfalls nicht! Aber Tornupto! Ausschließlich! Nichts anderes! Jeder zweite Trainer! Champion Robin! Ja, mein Zwölfel darin ist du ein Champion bist, ehrlich gesagt! Voll mit dem dummen Tornupto! Angeln wird langsam langweilig! Wie wäre es mit einem schnellen Kampf? Vier Pokémon! Hey, da ist ein anderes Starter-Pokémon! Ich meine... Er hat auf meine Kritik auf jeden Fall gehört! Er hat gehört, was ich zum anderen Angler zu sagen hatte! Und er war nicht begeistert! Genauso wie ich nicht begeistert bin von diesem Kreideschrei gerade! Aber... Warte, Gewaldro ist schneller als Baldrian! Gewaldro ist ein schnelles Pokémon! Aber ich denke, mit dem Tempo-Schub sollten wir es überholt haben! Ich will auch hoffen, dass du es zurückrufst! Nein, will ich nicht hoffen, ehrlich gesagt! Ah, und vor allem nicht für Kurte! Das bedeutet, Baldrian wird nicht viele Erfahrungspunkte abstauben können, denn... Ich fürchte, gegen Kurte ist es an der Zeit, für Baldrian zu gehen! Sitzbank, du kümmerst dich um die ganze Sache! Sitzbank hatte bisher noch alles im Griff! Flammenwurf? Oh! Ich hasse es immer, wenn ein Gegner Flammenwurf einsetzt! Das ist nämlich irgendein Punkt, wo man sich denkt, oh, sie haben ab jetzt richtige Angriffe! Das ist kein gutes Zeichen! Zumindest, wenn es darum geht, für mich zu überleben! Dann ist es kein gutes Zeichen, wenn die Gegner richtige Angriffe haben! Aber ich schätze, er sollte kein Surfer überleben! Denn wir reden hier immer noch von der einzigwaren Sitzbank! Und wie viel KP bekommen wir inzwischen? Elf! Langsam, aber sicher steigt es an! Und Gewaldro! Es wird Laubklinge einsetzen! Befolgung, okay! Ich mein, ich hab überlegt, ob ich auswechseln soll! Wenn ich ausgewechselt hätte, dann wäre ich genau in die Falle getappt! Aber so bin ich durch meine Sturheit wieder mal der Gewinner geblieben! Das sind eine Menge Erfahrungspunkte! Vielleicht bin ich aber auch einfach nur niedrig gelevelt! Und eine Mischung aus beidem! Flunkiefer sind wir auch ziemlich oft aktuell! Aus irgendwelchen Gründen! Aber okay! Flunkiefer ist einfach zu besiegen! Es gibt nicht viele Erfahrungspunkte, aber deswegen ist es einfach zu besiegen! Sei es das, weiß ich zu schätzen! Ja, das war nur ein Surfer! Und es gibt keine tausend Erfahrungspunkte! Unsere Sitzbank ist schon wieder fast vollgeheilt! Einfach nur vom Anwesendsein! Ein Selfie! Oh, kann ich damit mal ein Selfie machen? Äh, Surfer! Wir können natürlich auch die anderen drei von den linken, die an Pokémon suchen, aber... Es sind auch nur irgendwelche psychische Pokémon auf Level 45 oder so! Ich denke nicht, dass sie halt zu viel ausrichten können! Außer wenn ich keine Lust hinzugehen! Ich will sie auch nicht fangen! Ich mag dieses Trio nicht! Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das Problem ist, dass dieses Trio einfach sind alle vom Typ Psycho! Und sie sehen alle super ähnlich aus! Ich weiß nicht, ob sie überhaupt verschiedene Angriffe können! Ich meine, sie haben wahrscheinlich zwei oder drei verschiedene Angriffe, aber... Na, mit diesem Trio wurde ich nie ganz warm! Würde ich so weitgehend zu behaupten, dass es das schlechteste Trio von Legende an Pokémon ist? Äh, ich denke, es ist auf jeden Fall das charakterloseste! Das schlechteste ist einmal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall nicht das Beste! Ich meine, die Regis sind super cool, die Legende an Raubkatzen oder natürlich die Vögel! Das sind alles so coole Trios! Und dann kommen die drei und sagen so, ja, wir sehen alle gleich aus, aber mein Kopfschmuck ist ein bisschen... Der hat eine andere Farbe! Oh, da ist ja eine Menge Angler hier! Ich finde einfach ein komplett eigenes Pokémon! Das ist nicht interessant! Hm, ein bisschen vielleicht, aber nicht sonderlich! Ein Krawumms! Das ist ein Gegner mit einem Wumms! Äh, Käferbiss! Und ich wünsche wirklich, dass wir bald mal einen speziellen Käfer- oder Flugangriff bekommen würden, damit Baldrian auch tatsächlich eine seiner Stärken ausspielen kann, aber aktuell ist das noch weit entfernt! Stattdessen wurden wir verwirrt! Ich hab schon Baldrian! Nein! Der Stärker von Krawumms, wie viel Schaden macht der? Nicht so viel, das ist okay! Das ist fairer Schaden! Kannst du, dass Krawumms gar nicht mal so stark ist? Ich hab das Gefühl, sein normaler Angriff ist stabbed, sollten wir nicht vergessen! Und ich denke nicht, dass es wirklich nur einen erwähnenswerten Spezialangriff hat! Ich hab das Gefühl, es sollte mir Schaden machen! Mit dem, was es macht! Aber okay! Und seht ihr? Aktuell sind wir wieder ziemlich gut dabei, wenn es darum geht, mit Ladestrahlen den Spezialangriff zu erhöhen und daneben zu schießen! Beides Bereiche, in denen ich sehr gut dabei bin aktuell! Oh mein Gott, komm schon! Jetzt muss ich dich zurückziehen, weil du sonst stirbst! Baldrian's Move-Set wird langsam zu einem Problem! Langsam aber sicher wird Baldrian's Move-Set zu einem Problem! Ach, denn wenn wir nicht gerade sehr effektiv gegen den Gegner sind, wird es schwer, vernünftige Angriffe zu finden! Oh, sogar Krawumms lernt Knirscher! Aber Magnaien lernt's nicht! Okay! Scheinbar lernt einfach jedes Pokémon Knirsche, außer das Pokémon der Kategorie bis vom Typ Unlicht! Warum sollte es das auch lernen? Es wäre auch... Es wäre komplett daneben! Ein Mogelbaum? Das ist kein Pokémon, um das ich mir allzu viele Sorgen machen muss! Denn Mogelbaum neigt dazu... Ich will nicht gemein sein, aber es neigt dazu, schwach zu sein! Da bin ich noch ein bisschen... Keine... Vielleicht gibt's ein starkes Mogelbaum, aber... Ich weiß ja nicht! Ich weiß ja nicht! Aber wir sind mich an die Zeit! Das war... Was war das für ein Video? Ich glaube, es war mit Top 10 Pokémon, die ich nicht leiden kann oder so! Irgendwas Dummes! Der Hammerarm! Äh... Äh... Gibt keinen Grund, der Erdbeben aufzugeben! Wir werden dabei bleiben! Auf jeden Fall! Scheinlich... Wie die... Oh, wenn ich jetzt so den Angriff gelernt hätte! Mein Gott! Auf jeden Fall! Äh... Meinte ich da... Oh, Mogelbaum ist einfach nur... Ist einfach nur ein Baum! Da meinten Leute... Oh, das ist eben kein Baum! Das sollte so aussehen wie ein Baum! Hehehehe... Hehehehe... Äh... Das ist natürlich, dass es sieht aus wie ein Baum-Pokémon, aber nicht Baum-Pokémon! Sonst wäre es ja vom Typ Pflanze! Das kann ja sonst kein Baum sein! Sieht ja nur aus wie einer! Leider, da muss ich gerade denken! Das erheitert mich! Oh, Gott! Ihr wollt übrigens nicht der Typ sein! Fürs Protokoll! Und Ibitak! Das ist ein Gegner, mit dem wir fertig werden können! Denn ich vermute, Ibitak kann... Keine starken Angriffe! Und die Antikkraft wird reinschmettern! Habe ich reich, Ibitak? Komm schon! Was reinschmettern! Oh, nicht geschmettert genug! Oh, oh! Oh, oh! Oh, das tut weh! Oh! Oh! Also ein Spezialangriff ist schlecht, oder? Au! 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 Okay, Gesteinsangriffe wird Baldrian definitiv keine abbekommen! Ich meine, keine Überraschung, aber... Au! Das hat weh! Bolterus! Ein Gesteinstyp-Pokémon! Kein optimaler Gegner! Ich sag's, wie's ist! Ich denke, Sitzbank sollte mit ein paar Surfern... ...bei der Situation sehr schnell für Abhilfe schaffen! Oh, der Rückentzug wär bitter gewesen! Ich meine, ich hab sowieso mich zurückgezogen, also kein Problem! Aber Bolterus müsste vom Typ Gestein und Stahl sein, wenn mich nicht alles täuscht! Und ich glaube, seine Spezialverteidigung ist ziemlich unterdurchschnittlich! Ich weiß nicht, ob sie unterdurchschnittlich ist, aber... Kann ich sagen, dass die auf jeden Fall nicht überdurchschnittlich ist! So viel kann ich euch an der Stelle versichern! Gut, dann machen wir noch eine Lake! Und Bolterus wird überleben, weil es Ausdauer macht, um unser aller Leben zu verkürzen... ...und Zeit zu verschwenden! Hör auf damit, Bolterus! Ich weiß nicht, wie viele Tränen es übrigens auch auf der Route nach Sonnebeck gibt! Die Route nach Sonnebeck ist generell ein Gebiet, das ich einfach komplett aus meiner Erinnerung gestrichen hab! Das ist ein seltsamer Ruf! Ich meine, es ist diese eine komische... Warum sind da random Häuser? Ey, auf Routen sind normalerweise keine random Häuser! Bisschen seltsam! Oh, der Impergator, Imperator! Hm, Balthian wäre ein guter Gegner dagegen, aber... ...Balthian ist gerade ein bisschen geschwächt, also... ...lassen wir den guten alten Strammen Max die Arbeit erledigen! Auch wenn Impergator wahrscheinlich Knirsche einsetzen wird, oder Agilität! Aber den Strammen Max ist eigentlich Sternenhieb! Soll ich wahrscheinlich im Idealfall irgendwann lernen, weil ich glaube, 45 oder Level 42 entwickelt sich Methan generell zu Metacross weiter. Das heißt, irgendwann sollte der gute Stahlangriff kommen, eines Tages... Ja, nein, vielleicht, unter Umständen... Finde ich nämlich ganz cool! Und das war sehr viel mehr Schaden, als ich mir gewünscht hätte! Oh, so ein cooler Ruf von Impergator! Ich habe verloren, wie konnte das nur geschehen? Naja, ich würde erst mal sagen, deine Pokémon waren schwächer als meine Pokémon! Kraftwurzel! Oh, wo kommt man die Items eigentlich in der Generation her? Pokémon Größenwettbewerb! Große Pokémon gesucht! Können wir da bitte nicht reingehen? Zum Wettbewerb waren immer Zeitverschwendung! Man zeigt ihnen irgendein gewisses Pokémon, was sie sehen wollen! Eins von zwei oder drei verschiedenen! Dann sagen sie, oh, dieses Pokémon ist ziemlich groß! Oder, oh, dieses Pokémon ist nicht sehr groß! Ich werde gar nicht erst reingehen! Wir werden auf der See und in ein Boot fahren! Nur du und ich! Das ist das Leben der Matrosen! Das Leben der Matrosen! Los, sing mit! Nein, 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 nein! Ich möchte nicht das Leben der Matrosen mitsingen! Ein Kokowai! Kokowai ist natürlich bekannt dafür, dass es eine große Schwäche gegenüber Käferangriffen hat! Dann werden wir diese doch gleich mal ausnutzen! Außer halt auch eine hohe Verteidigung! Vielleicht ist sie doch nicht so hoch! Und sein Angriff ist wirklich schwach! Ich mag Kokowai! Okay, bei Adrian's Spezialverteidigung macht mir wirklich Sorgen! Das war eine Konfusion! Oh mein Gott! Eine Konfusion! Ja, Spezialverteidigung ist auf 56! Ich muss diese Schwachstelle im Hinterkopf behalten, denn diese Schwachstelle ist sehr schnell, sehr tödlich! Und damit meine ich sehr, 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 sehr schnell und sehr tödlich! Und ich kann es mir aktuell nicht leisten, Baldrian kurz bevor es anfängt, die guten Angriffe zu lernen und zu verlieren! Ich meine, wir haben so weit durchgezogen! Jetzt können wir mit Baldrian auch den Rest noch schaffen! Und er meint, sein Pokémon ist so cool, ich soll es mir ansehen! Dann werft mir einen Blick darauf, ob es wirklich so cool ist, wie man sich auf den Straßen erzählt! Ja, ich weiß nicht! Ich denke... Ich denke, Zickzacks wäre ein cooleres Pokémon! Und deswegen werde ich dir die Erdbebenstrafe geben! Die daraus besteht, dass ich ein Erdbeben gegen einen Pokémon einsetze! Und es daraufhin mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht weiterleben wird! Tut mir leid! Aber wenn du sagst, du hast ein cooles Pokémon und setzt Geradax! Dann gibt es ein, dann gibt es zwei, dann gibt es ein Erdbeben! Hui, ich muss ja mich an meinen Schwimmreifen festhalten! Das war auch ziemlich cool! So, vorn könnte man noch entlang irgendwie... Ja, ich kann da einfach durchgehen! Okay, er will nicht kämpfen! Gut! Dann würde ich sagen, wir sollten soweit die meisten Trainer gemacht haben! Lass mich noch eben das Item hier drüben mitnehmen! Haben wir... Yeah, wir haben noch jemanden dabei, der zerschneiden kann! Die gute Olive! Auf die Olive ist Verlass! Spuktafel! Ich hätte ja viel lieber eine Spuktafel! Tch! Ich glaube, wir sind schon direkt in Sonneweg angekommen! Dann würde ich sagen, wir sind soweit fertig! Nein, hier wollte ich nicht hin! Nein! Nein, ist egal! Bisschen Tränen kann nicht schaden! Kein optimaler Gegner für mich, aber Zappelfill ist aus irgendwelchen Gründen schneller als Rasaft! Das macht mich nachdenklich! Auf jeden Fall sind wir an Sonneweg angekommen! Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal ist es Zeit für den achten Orden! Und dann! Oh, dann! Dann steht uns nicht mehr viel bevor! Aber erstmal müssen wir dann die 8. Arena bestehen! In Sonneweg können wir natürlich dann noch ein paar Sticker kaufen für zu Pokébälle! Das ist die einzige... Und es gibt irgendwie so einen komischen Radweg oder so, dem entlang geht! Das sind die einzigen Dinge, an die ich mich erinnern kann! Ich habe einen großen Traum! Ich möchte gegen jedes Pokémon auf der ganzen Welt kämpfen! Ja, den Traum habe ich auch! Ich habe bereits ein Drittel aller Pokémon auf der ganzen Welt abgeklappert! Und du? Du auch? Hm? Ich höre nichts! Er hat Sonnfehl-Schwebe wahrscheinlich! Aber mal schauen! Er hat Schwebe! Und die Itemsperre als Angriff! Oh oh! Aber wie soll ich denn jetzt meine Items einsetzen? Sonnfehl! Grausam! Kosmikkraft war... Was macht Kosmikkraft? Er wird Spezialverteidigung oder so? Verteidigung steigt und Spezialverteidigung steigt! Ja, ich fürchte, um eine Stufe Verteidigung steigern wird an dem Punkt nicht mehr ganz ausreichen! Aber auf Level 41 ist Sonnfehl generell auch so schon nicht mehr so stark, wie es das vielleicht mal war! Und ich glaube, es war generell nie allzu stark! Schon wieder ein Flungenkiefer! Was ist mit eurem Flungenkiefer? Ernsthaft? Warum hat jeder von euch einen Flungenkiefer aktuell? Ich meine, wir sind noch zwei Generationen davon entfernt, dass Flungenkiefer für irgendwas gut sein kann! Warte, was ist eigentlich aus Flungenkiefer geworden in den Zeiten nach Mega-Entwicklungen? Da wurde Flungenkiefer einfach nur wieder unnütz, oder? Ist ein bisschen traurig! Hm, wie viel Schaden wird Potrott nehmen? Ich sage... Nicht allzu... Oh, das ist eine Menge! Auch wenn du einen Käfer bist, einsetzt Potrott! Das ist zwar eine Menge Schaden! Ich dachte, Potrott wird vielleicht, keine Ahnung, ein Viertel an Schaden nehmen oder so, aber nicht die Hälfte! Mein Gott! Der alte Zappelfill ist, die die Erde zappeln! Und wir bekommen noch Heilung mit Seegesang! Und Zappelfill ist fast wieder aufgeheilt! Fast! Ich habe es noch verloren, aber bin einen Schritt näher, meinen Traum wahrzumachen! Ah ja, das stimmt! Das ist ein netter Traum! Der gefällt mir! Der wird ein Honigbaum! Und... Da unten gibt es scheinbar auch irgendwas! Gehen wir weiter! Sonnenwüchser, Redleiter, Volkler, langweilt sich in letzter Zeit sehr, so erzählt man es sich jedenfalls! Wir brauchen dringend starke Trainer, die ihn herausfordern, damit seine Langeweile ein Ende hat! Manche Leute kommen nämlich auf die seltsamste Ideen, wenn sie zu viel Zeit haben! Ich will nicht, dass ein Volkler wieder dieses seltsame Zeug macht! Jemand muss ihn unterhalten! Hey, Trainerkollege! Dein Pokémen sind Ihnen an Pokébellen gut aufgehoben! Aber das verbirgt die Irre Aura nicht! Sie sind ganz schön zähe Kerlchen! Oh, entschuldige, ich sollte mich mal erst mal vorstellen! Ich heiße Ignas! Ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga! Ich habe doch so eine Idee! Vielleicht kannst du das erledigen! Es geht um einen Rehleiter dieser Stadt! Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus mit dem Kampf vollends verloren! Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen! Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert! Denn der Stromausfall hat seiner Laute sicher auch nicht weitergeholfen! Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Ich möchte, dass du ihn in einen Kampf lieferst! Der seine Leidenschaft für Duelle wieder zum Leben erweckt! Ich verlasse mich auf dich, Heißspawn! Nenn mich bitte nicht Heißspawn! Also, wirklich! Mach das bitte nicht! Wir werden noch unsere Angel auswerfen! Und dann sind wir fertig für heute! Oh ja, und hier ist Jasmin aus der Joto aus irgendwelchen Gründen! Er macht wohl Urlaub hier in der Gegend! Profi Angel! Los geht's! Gleich beißt was an! Es beißt nichts an! Profi Angel! Nochmal, los! Gleich wird was anbeißen! Das habe ich im Urin! Okay! Und wir bekommen ein... Cognodon! Das ist nicht übel! Sollt ihr auf jeden Fall schon mal gute Angriffe lernen! Und dann kommt es natürlich darauf an, auf welchen Level es sich weiterentwickelt! Aber mal schauen! Lass mich erstmal in den flotten Flottball werfen! Bei dem ich mir inzwischen übrigens immer sicherer bin, dass er... ...noch nicht wirklich gut ist! In dieser Generation! Außer er will mich vom Gegenteil überzeugen! Er hat mich vom Gegenteil überzeugt! Der Flottball ist nicht zu unterschätzen! Und wir haben Cognodon! Kopfstoß! Es lebt seit Uhrzeit im Dschungel! Kann mit... Kann im Weg befindliche Bäume mit Kopfstoßen aus dem Weg räumen! Wir hatten schon mal einen Cognodon! Das relativ stark wurde! Und dann... Nicht ganz, weil ich die Nasrk-Challenge verloren habe! Aber es war... Der Koko! Ja, ja! Der Koko mag Bananen gern! Oder sehr! Was sagst du dazu? Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause! Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm! Oh, wenn du den Arena-Ord nicht hast, musst du wieder umkehren! Wer ist, wenn du umkehrst? Ich muss mal schnell schauen, auf welchen Level sich kockt und dann weiterentwickelt! Es entwickelt sich auf Level 30 und lernt nicht wirklich irgendwelche Angriffe bis dahin! Außer Antikkraft! Was der traurigste Steinsangriff ist, den so ein Pokémon lernen kann! Aber ich würde sagen, wir haben ein Pokémon mit Potenzial... Ich weiß, es kann sich nicht weiterentwickeln! Ich weiß nicht, ob es Potenzial hat, aber... War nett mit dir, Oliber! Mach Platz für Cognodon! Weil, wenn ich ja natürlich den EP-Teiler bekomme, bis er Level 30 erreicht! Aber dennoch... Ich glaube, ich könnte es nicht mal für sich selbst kämpfen lassen, wenn ich drüber nachdenke! Selbst wenn ich es wollen würde! Ich fürchte, es hat keine Angriffe, mit denen es sich zur Wehr setzen kann, oder? Was kannst du? 49 Angriffe! Scheint, dass das alles verschwinden wird, wenn es sich weiterentwickelt, aber... Was soll das für ein Moves jetzt sein? Verfolgung? Ich glaube, dass das wird sich nicht verteidigen können. Aber gut, ich würde sagen, wir sind in Sonneweg angekommen. Beim nächsten Mal fordern wir den Arenaleiter raus, schauen uns ein bisschen in der Stadt um... Und dann sind wir auf dem Weg zum Top 4. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und gute Nacht! Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin, Randomizer, Nuzok Challenge, willkommen in Sonneweg! Äh, die Frage ist natürlich, was wollen wir jetzt am besten machen? Wir haben übrigens Coco beim letzten Mal gefangen, was ich auf Level 30 trainieren will. Das wäre ganz cool. Wollen wir jetzt zur Arena gehen und wollen wir uns die Stadt auch anschauen? Ich persönlich würde fast sagen, wir gehen erstmal zur Arena. Und der macht den langweiligen Teil danach. Was halte ich dir dafür? Dann können wir erstmal die Nerven wieder beruhigen. Sonnewegmarkt, große Auswahl an Stickern. Vielleicht schauen wir kurz in den Sonnewegmarkt. Der Mabutl muss nicht mehr ansprengen, dann gebe ich jedem Pokémon ein schönes Geschenk. Ich verzichte. Der Sonnewegmarkt ist bekannt für seine große Auswahl an Stickern. Hm, Sticker. Siehst du, Stickerhändler da? Heute hat er ein neues Sticker auf Lager. So und nicht anders gefällt es mir. Oh, der Stickerhändler. Äh, ich würde gern kaufen. Herz A, Blasen D. Geben wir fünfmal Herz D. Dann Blasen A. Fünfmal. Wollen wir ein bisschen Feuer. Blüten. Musik, Stern. Wir wollen sie alle. Meine Pokémon brauchen vernünftige Pokébälle. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Typ verkauft für das Protokoll, aber ich werde einfach mal, äh, okay, verkauft nicht viel. Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Und schauen, ob wir damit dann was letztes zusammenbekommen. Ich meine, nicht wirklich, aber... Näh. 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 Ist das was? Ist das was? Ich glaube, das werde ich sogar direkt jetzt erledigen. Äh, wo... War das der Stickerkoffer? Stickerkoffer. Sticker 40. Wie ist Sticker 40? Ich vermute, ich muss das am PC machen. Denke ich. Denn, äh, die Aussage ist Sticker 40. Ähm. Hat jetzt nicht viel aufgeklärt, äh, für mich persönlich. Aber okay. Sticker 40. Kannst du dich mal anschauen, welches. Es sind einfach nur 40 Sticker. Ganz recht. Also. Ich würde die Ballkapsel gerne bearbeiten. Was hat man denn da alles? Äh, Sterne. Kann ich die wegmachen? Ich kann die wegmachen. Wir haben ein bisschen Rauch. Wisst ihr was? Wir machen, wir machen einen ganz rauchigen Ball. Mit dreimal Rauch. Und einmal schwarzes Herz. Oh. Das ist cool. Äh, wer bekommt Rauch und schwarzes Herz? Ich denke, das ist für Strabber Max. Denn der Strabber Max ist ein gefährliches Pokémon. Oh, einfach nur Herz. Das ist ja der kleine Koko sich verdient. Der, der, der kleine Junior. Ähm. Regenbogensterne. Gut. Dann hätte ich davon noch einen. Und davon. Und davon. Eine Menge Sterne. Yeah. Wenn ich das so sehe. Das wäre wahrscheinlich zum Metacross gut gepasst. Da hätte ich schon was anderes. Nicht bearbeiten. Nein. Wir müssen das anbringen. Wer hat sich das verdient? Sterne. Baldrian. Baldrian bekommt Stärke. Und, äh, der gute Zappelfill bekommt Blasen? Weißes Feuer? Oh. 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 Äh, blaues Feuer. Verzeihung. Yeah. Das ist ein eiskalter Auftritt, mein Freund. Eiskalt. Und das bekommt Zappelfill. Äh, Kabum bekommt auch einen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich meine. Komm schon. Und ich denke, äh, für Kabum gibt es nichts passenderes als, äh, Noten. Denn Kabum, äh, Kabum ist ein alter Musiker. Und Musik hat sich das verdient. Ja, es sind nicht so viele Noten, wie ich mir dachte. Aber, okay. Anbringern. An Kabum. Okay. Dann würde ich sagen. So weit, so gut. So weit, so gut. Suchen wir die Arena. Ich war, glaube ich, irgendwo beim Leuchtturm oder so. Ich bin mir auch wirklich nicht mehr ganz sicher. Äh, wir werden einfach mal da oben entlang. Da oben bin ich übrigens immer entlang gefahren, als ich mein Mana-Vieiei ausgeblütet habe damals. Was lange gedauert hat. Ich bin sehr auf dem Kreis gefahren. Der Arena übertreibt es mit der Elektrizität. Der muss auch mal an die Stadt denken. Die braucht doch auch Strom. Au. Das ist ein aktuelles Problem. Oh, und dann sind wir wieder bei der Thematik. Das geht schon wieder um Energie. Nein. Es gibt drei Städte, wo das der Fall ist. Du bist also der neuesten Herausforderer der Arena von Sonneweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich die Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert. Also hält mich nichts mehr davon ab. Vor allem will ich Kämpfe austragen, die mich wieder fordern. Als härteste Arena-Leiter in Sinnohin werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Okay, dann, äh, bis dann. Kann ich da durchschauen? Oh, cool. Sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Das ist auf jeden Fall die, äh, Pokémon-Liga. Ist nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann. Irgendwann, äh, werde ich zusammen mit meinem Pokémon diese ferne Gegenden bereisen. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen ab. Der, äh, ich würde sagen, der Leuchtturm ist nicht mehr ganz so aufregend wie in, ähm, Yoto. Generell verstehe ich inzwischen auch, warum, äh, Yasmin da ist. Ihnen ist es auffällig, dass sie die Stadt gemacht haben. Oh, hey, das ist einfach nur nochmal Anemonia City. Ich glaube, sie ist Anemonia City aus, äh, Yoto. Äh, vielleicht sollten wir einfach Yasmin hinstellen, die sagt, oh, die Stadt kommt mir bekannt vor. Die habe ich ja noch nie gesehen. Und so war es dann auch. Okay, die Arena ist nicht hier. Monas Haus, Bänder für jedes Pokémon. Ist ja was, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir rein, wenn wir die Arena suchen. Oh, hallo, was bist du für ein süßer Trailer? Mein Mann ist Seemann und ständig irgendwo weit weg unterwegs. Oh, Einsamkeit, verstehe. Ich sehne mich danach, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Allerdings kann das ganze Warten ganz schön langweilig werden. Ich habe eine Idee. Besuch mich ab und zu und erzähl mir Geschichten, ja? Okay, ab morgen kann ich sie besuchen. Äh, ich kann ja versichern, dass das eine Sache ist, die nicht passieren wird, ehrlich gesagt. Ich höre, die Team Galactic führt nichts Gutes im Schilde, aber hier in Sonneweg haben wir noch nie jemanden von dem Team gesehen. Doch selbst wenn sie kommen würden, an unseren Arena-Leiter folgt, da kommt keiner vorbei. Ich erinnere mich noch, er war ein guter Schüler, aber was wohl aus ihm wurde? Oh, äh, yeah. Okay. Unangenehme Situation. Hey, du da, er ist endlich zurück. Außer bescheid der motivierte zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, dich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast. Heißsporn, in der Hitze des Gefechts spricht der Funke in der Kampfeslust auf ihn über. Na los, Heißsporn, ich warte auf dich in der Pokémon-Liga. Hör auf mich, Heißsporn zu nennen, ernsthaft. Heißsporn, was soll das überhaupt? Außer die Arena, die ist ein bisschen, äh, langweilig dafür, dass die letzte Arena ist. Vom Konzept her. Gehen das und wir sind da. Schön. Wirst du das mit dem Arena-Leiter schaffen? Bist du ganz sicher? Relativ. Hoffe ich. Ich meine, ich kann ja sagen, ein Farbbiegel wird mich nicht daran hindern. Level 47. Aber das stärkste Pokémon von Volkner sollte Level 50 sein. Das heißt, wir sind von der Levelkurve her im grünen Bereich. Ähnlich wie der Pinsel von Farbbiegel. Der ist ebenfalls im grünen Bereich. Damit mache ich den Farbeimer. Das ist mal eine Menge Erfahrungspunkte. Zahnräder drehen und drehen sich. Ich drehe mich nach unten und bin raus. Ich weiß nicht, wenn das passiert. Also, was haben wir hier alles? Wir haben hier einen Trainer. Werden wir doch den erstmal bekämpfen. Ich will gewinnen und diesen Antrieb lege ich in meine Gitarre. Ich will gewinnen. Diese Leidenschaft verpflichtet auch meine Pokémon. Ich glaube, das war ein Lied. Ich bin mir auch echt nicht sicher. Das ist ein Pokémon, das einem den Tag ruinieren kann. Muss man ganz klar sagen. Ich würde sagen, wir hauen direkt ein Erdbeben raus. Und sind sehr dankbar dafür, dass Mewtwo sich dazu entschieden hat, Weißnebel zu machen. Und ich denke, das Erdbeben wird soweit. Es wird Mewtwo nicht killen, weil es ist Mewtwo. Aber es sollte akzeptablen Schaden austeilen. Richtig? Oh, richtig. Das war hervorragend. Der Seer ist etwas unangenehm. Das ist nämlich ein Angriff von Mewtwo, der eventuell in zwei oder drei Runden auf irgendeins meiner Pokémon einschlagen wird. Das ist überhaupt nicht gut. Oh Gott. Vor allem, ich weiß nicht, wie viel Schaden der Seer machen wird. Der Trainer an sich hatte, glaube ich, drei Pokémon. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ihn nicht vorher besiegt bekommen. Und Coco erreicht Level 17. Zum Pex. Hey, da ist unser Zum Pex. Zum Pex ist ebenfalls ein Surfer. Ich kann nicht wirklich drin bleiben. An Zum Pex gefährliche Wasserangriffe. Ich habe jetzt keine Nebenbrühe, aber... Ah, Seer ist wahrscheinlich ein spezieller Angriff. Ich denke, wir werden zum Sitzbank wechseln. Und erst mal darauf hoffen, dass wir die Angriffe von Zum Pex so weit ignorieren können. Schlammbombe. Ja, das macht nicht so viel Schaden. Auch wenn natürlich die Genauigkeit sinkt, was wir uns nicht wünschen. Jede Sekunde wird der Seer einschlagen und ich bin nicht begeistert davon. So, er fährt noch so ein Pax. Was einzeptablen Schaden macht. Voll die Check-It daneben. Oh, der Seer ist immer noch nicht da. Oh, er ist immer noch nicht da. Doch, da ist er. Da ist er. Wie viel Schaden macht er? Äh, ich mein... Ich weiß nicht ganz, wie der Schaden und sowas von Seer berechnet wird. Muss man fairerweise sagen. Ich glaube, es war nämlich irgendeine seltsame Sache. Aber... Ah, das hätte schlimmer ausgehen können. Vor allem ist bei Seer irgendwie auch die Typenwechselwirkung deaktiviert und sowas. Ist ein bisschen seltsam. Der Bodycheck. Immerhin kann Zum Pex keine allzu gefährlichen Angriffe. Auch wenn der Bodycheck mehr Schaden macht, als ich mir wünschen würde. Vielleicht bringt es sich mit dem Bodycheck auch einfach um. Schon Surfer trifft. Oh, der gute alte Surfer ist einmal daneben gegangen. Aber danach getroffen wie eine Eins. Aber es gibt trotzdem nicht viele Erfahrungspunkte. Oh, mir kommt Coco keine Level-Ups. Ich habe das Gefühl, Coco sollte viel mehr Level-Ups bekommen. Ninjaturm. Immer wieder erschreckend, weil ich jedes Mal, wenn Ninjaturm auftaucht, erst mal ein bisschen brainstormen muss, welches Pokémon mit Ninjaturm fertig werden kann. Und glücklicherweise haben wir immer noch einen Star, das genau den Angriff hat, den wir benötigen. Nämlich die Antikkraft. Statt den Stoß sollte... Äh, wobei die Spezialverteidigung von Baltrian ist echt fies, aber... Nicht mal in der Situation kann Ninjaturm wirklich was ausrichten. Aber ja, generell. Immer wieder ein bisschen erschreckend, Ninjaturm zu sehen. Und dann würde ich sagen... Level 18 für Coco. Coco bekommt so viel Angriff dazu. Wir haben gewonnen. Wir können nicht siegen, keine Zugaben von uns. Oh nein. Dabei habe ich dieses Konzert zu sehr genossen. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Zugaben von diesem hammermäßigen Konzert. Wenn wir schon dabei sind. Ich meine, wir bekommen eh so viel Geld, dass wir für nichts brauchen. Wir werden Baltrian nochmal eben aufheilen. Diese paar KP können nämlich den großen Unterschied machen. Äh... Ich habe das Gefühl, das hat mir alles nicht weitergeholfen. Warte, wie... Wie komme ich hier weiter? Moment. Links kann ich auch nicht entchlagen. Kann ich... Nein. Was? Warte, was? Oh, okay. Wir können jetzt... Okay. Wollte ich jetzt sagen, irgendwas verstehe ich hier falsch. Dieses, die Erdnste Arena der gesamten Sinnoregion. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken lernen. Oh, ein richtiger Schüler, also. Okay. Ich kann auch Kinder verprügeln. Ich habe kein Problem damit. Ich bin stärker als ein Kind. Empoleon. Das ist mächtig. Aber es ist auch mächtig genug für ein Erdbeben. X-Tempo. Das ist eine wundervoll verschwendete Runde. Und das X-Tempo sollte durchaus akzeptablen Schaden austeilen. Fairweise muss ich aber sagen, der Sprite von Empoleon sieht ganz cool aus aus der Generation. Ich habe das Gefühl, Empoleon ist auch so ein Pokémon, welches in 3D, wenn man es von verschiedenen Perspektiven sieht, designtechnisch komplett in sich zusammenbricht. Aber der Sprite ist cool. Dagegen würde ich nichts sagen. Yes. Okay. Ich kann das Pokémon an der ersten Stelle mal wieder durchwechseln. Badrian. Bring uns Glück. Hallo. Sieh nur einer an, wie ich rumlaufe. Man sieht ja wohl, dass ich echt krass drauf bin. Ach Gott. Zumpax. Einfach muss man schon ziemlich krass drauf sein. Badrian hat leider nichts gegen Zumpax auf Lage, aber... Ah. Sitzbank. Sitzbank wird das erledigen. Lehmbrühe. Lehmbrühe senkt Geschwindigkeit manchmal, glaube ich. Lehmbrühe senkt Genauigkeit. Oh, Zumpax hat nur Angriffe, die meine Genauigkeit senkt. Das ist nicht cool. Genauigkeit senken gilt es nicht. Ich will nicht Beutel. Ich will Surfer. Warum habt ihr überhaupt alles Zumpax? Zumpax ist ein bisschen nervig zu bekämpfen, wenn man gerade keinen Pflanzen-Pokémon zur Hand hat. E-Mail setzt das Gesicht da ein. Ein Angriff, der nicht wirklich Sinn ergibt, weil... Kein... Hilft Gesicht dir dabei, dass Bodenangriffe gegen Fluggegner treffen? Ich glaube nicht. Wobei, sollte es. Ansonsten würde Zumpax ja kein Gesicht lernen, oder? Ist oder so seltsam. Und die Genauigkeit ist nicht gesunken. Huh. Gute Arbeit, Sitzbank. Und jetzt trifft mit dem Surfer. Oh, Sitzbank. Seit ich dir die Hydro-Pumpe verlernt habe, ist es mit deiner Genauigkeit steilwerk abgegangen. Damals hättest du noch, trotz der Gesenker-Genauigkeit, mit jeder Hydro-Pumpe... Okay, das ist einfach nur lächerlich. Ich meine, das ist ein Surfer. Wie schwer kann es sein, mit Surfer zu treffen? Surfer ist der Angriff, bei dem ich mir immer sicher war, dass das Spiel ein bisschen morgelt. Und Surfer trotzdem immer trifft, obwohl die Genauigkeit gesenkt wurde und sowas. Das Surfer und der hat mir gefühlt einfach noch eine doppelt so gute Trefferquote haben. Aber du hast mich vom Gegenteil überwiesen, Sitzbank. Und ich hoffe, du bist sehr beschämt. Nein, ich will nicht Grimasse lernen. Grimasse ist so ein nutzloser Angriff für mich. Das muss ich immer dazu anmerken. Es ist nämlich immer irgendjemand da, der sagt, also tatsächlich kann der Angriff schon echt hilfreich sein. Wenn man erstmal für fünf Jahre kompetitiv das Kampfsystem studiert hat. Ich meine, okay, ja, ja, fair. Ich will nichts dagegen sagen. Ich will nur sagen, ich mag Grimasse nicht. Ich mag den Angriff nicht und ich werde ihn nie einsetzen. Hallo, mein alter Freund. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Nein, nicht fliehen. Ich wollte... Nein. Ach, ich bin gerade ungeschickt in meiner Fingerfertigkeit. Ich habe überlegt, ob ich zu dem strammen Max wechseln will. Aber da ist mir aufgefallen, nein, Moment, das ist... Es wäre keine gute Idee, einen Stahl-Pogmon gegen einen Feuer-Pogmon einzuwechseln. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Das ist die Kurzfassung der Geschichte. Larker! Seht ihr, und da ist schon Gmasse? Heatread ist schneller als ich, aber es setzt Gmasse ein. Was soll das bezwecken? Und die Larker ging natürlich daneben. Aber ich will noch ein bisschen meine Surfer-AP aufsparen, weil man kann ja nie wissen, an dem Punkt gibt es nicht wirklich den Grund, auf einen Surfer zu... Eine Stufe! Deine Genauigkeit ist um eine Stufe gesunken. Wie könnte ich jetzt schon vier Angriffe daneben gegangen sein? Komm schon! Aber hey, wer Mietran besiegt, die gute alte Bohrer, das waren noch Zeiten. Level 20 für Coco! So, ich vermute, es kommt noch ein Pokémon. Es ist ein Skuntank! Dieser Ruf! Ah, ich denke, gegen Skuntank werden wir definitiv und ohne jegliche Zweifel strammen Max einwechseln. Ich wollte gerade sagen, außer es hat Flammenwurf, weil ich dachte, der Flammenwurf wäre per TM. Okay, wenigstens ist der Flammenwurf nicht so stark. Gott! Ich dachte, der Flammenwurf wäre per TM oder so immer gewesen, aber nein, das ist scheinbar... Skuntank und sein Flammenwurf, das ist ein Dream Team, das man nicht trennen kann voneinander. Aber immerhin... Dieser Ruf! Hat es ziemlich viel Schaden, um durch das Erdbeben. Strong Man Zoe. Ich habe das ernst gemeint, lach mich nicht aus, dass du krass unterwegs bist. Das ist mir schon aufgefallen. Okay, wir noch ein paar Trainer, das heißt, ich gehe mal eben zurück und wir heilen uns auf und dann sind wir zurück in der Arena. Okay, hallo, als Trainer oder Gitarrist brauchst du Hingabe und Engagement, um dein Können weiter zu verbessern. Ja, ja, das kenne ich. Ich bin auch leidenschaftlicher Trainer. Das ist ein Pokémon, das gefährlich aussieht, aber eine Verteidigung hat, welche absolut für nichts Gutes. Der Angriff, ich meine, hätte der Aufhörer sein können, und es hat ein Loch im Brustkorb, da wo eigentlich sein Herz sein sollte. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten schockiert an Deoxys. Es hat einfach kein Herz. Und Level 21 für Coco. Mein Können hat mich im Stich gelassen, ich war aber nicht im Einklang mit mir. Ja, ja, den Eindruck hatte ich auch, aber ich wollte es nicht zu laut sagen, denn mich würde deine Gefühle verletzen, wenn ich sage, dass dein Können nicht im Einklang mit dir selbst ist. Hier haben wir eine halbe Drehung direkt, okay. Wir machen also ernst. Hallo. Ich suche ja nicht nur nach starken Tränen, mit denen ich kämpfen kann, nur das Arena, nur der Adrenalinschuss wegen, was, nur des Adrenalinsstoßes wegen kämpfe ich. Ich will ihn spüren. Ja, von solchen Leuten will man sich fernhalten, die nur wegen dem Adrenalinsstoß kämpfen. Pinsir kann auf jeden Fall Käfer- und Kampfangriffe, das heißt, ich sollte mit der Antikkraft okay unterwegs sein. Richtig? Ja, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Der Schwertanz sieht jetzt erstmal beängstigend aus, aber ich denke, mit der Antikkraft kommen wir gut voran. Ich wünsche, Pinsir könnte Generation 4 schon mehr Käferangriffe lernen, aber ich glaube, es gab damals schlicht und greifend und nicht wirklich viele akzeptable Käferangriffe. Ich meine, es sollte viel Änder lernen. Ich denke, das wäre ein guter Anfang. Pinsir ist ein cooles Pokémon. Irgendwann wird bestimmt was damit gemacht. Ich meine, es wurde damit mal was gemacht. Das ist jetzt gefährlich. Wir machen, wir ziehen Lichtschild hoch. Ach. Es wurde was damit gemacht mit der Mega-Entwicklung, aber da wurden Mega-Entwicklungen verworfen und irgendwie wahrscheinlich wurde dann sonst nicht mal zu viel draus. Wie viel Schaden macht Käferpist? Nicht so viel. Der Seher, der Altbekannte. Gute Nacht, Baldrian. Schlaf gut. Wir haben noch einen Aufwecker übrig. Ansonsten sind natürlich noch 30 Hyperheile, aber wir müssen natürlich Ressourcen sparen. Sternschauer. Ich habe das Gefühl, der hat gar kein starker Angriff. Ich dachte, das war Psychokinese. Deswegen habe ich, ich habe mir darum ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher, ob es das wirklich kann. Es hat Seher, Gäner, Sternschauer. Bestimmt noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Reicht der nächste Käferpist, um es auszuschalten? Oh, da ist der Seher. Oh, der war wahrscheinlich von, äh, nein! Bei meinem Schild noch geschwächt, von dem Lichtschild. Okay, Lichtschild ist weg und ich bin eingeschlafft. Das ist, äh, eine gefährliche Kombination. Nicht der Topbeleber. Wir brauchen den Hyperheiler. Könnte ich einfach mit Topbelebern um uns werfen? Was macht Seher? Seher? Okay. Dann würde ich sagen, dieser Kampf ist offiziell gewonnen. Denn der Seher braucht noch ein, zwei Runden mehr, bis er treffen könnte. Level für Coco, Level 22. 66 Angreifen. Die Kraft ist beeindruckend. Sie hat mich in ihren Bann gezogen. Ja. Schon ziemlich stark. Ja, ja doch, ja. Das, das verstehe ich. Für Baldrian noch ein bisschen trainieren, denn Baldrian muss die 46 erreichen. Äh, was haben wir hier noch alles vor uns? Wir nähern uns auf jeden Fall dem Arena-Leiter. Langsam aber sicher, aber uns steht noch ein paar, uns steht noch ein kleines Rätsel bevor. Tangoloss? Das ist ebenfalls ein hervorragender Gegner für Baldrian. Baldrian hat aktuell eine Glückssträhne, was die gegnerischen Pokémon angeht. Ist Tangoloss nicht sogar Pflanze und Unlicht? Naja, ist wahrscheinlich nur Pflanze. Ich denke, wenn wir vierfachen, äh, wenn wir vierfachen, äh, Effektivität hätten, hätte das mehr Schaden machen sollen. Und... Tangoloss ist so gut wie besiegt. Der Slam geht daneben. Beschämend. Geh verbiss. Okay, so weit, so gut. Aber ich denke, es sollte auch ein Level-Up für Baldrian sein an der Stelle. Richtig? Yeah, richtig. Nur noch fünf Level oder so, bis es gute Angriffe lernt. Kreideschrei ist halt auch sagenhaft nutzlos für Baldrian, da es kein physischer Angreifer ist. Und ein Snobili-Cut. Ladestrahl. Vielleicht können wir unseren Spezialangriff ein bisschen erhöhen. Das wäre ganz cool. Oh, Volltreffer. Wollte gar nicht sagen, das war so guter Damage, aber Volltreffer gibt Sinn, denke ich. Tränkeschmied. Seh schon, legst du auch Wert darauf, deinen Spezialangriff zu steigern, aber hat so wenig Kategorien spezielle Angriffe? Seh was? Wenn es welche hat, sollten wir vorbereitet sein. Verhöhner. Ich habe das Gefühl, dass Zumbilik hat, weiß ich, was es macht. Es würde mich wundern, wenn es überhaupt Angriffe hat. Es hat vielleicht Schlitzer oder so, aber mehr auch nicht. Es sollte nicht reichen, um zu killen. Oh, es reicht! Baldrian! Wenn du jetzt noch gute Angriffe hättest. Oh, dann wäre das Ganze interessant. Das sage ich mir auch immer. Schau mal, Max, dein Einsatz. Wir haben doch einen anderen Trainer vor uns. Wenn wir keinen haben... Oh, äh... Oh Gott! Oh nein, ich hätte jetzt... Nein, warte, warte, warte... Oh, ich kann einfach drunter durch. Oh. 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 Ich war so verwirrt. Ich dachte, ich muss das irgendwie jetzt deaktivieren. Ich bin überrascht, dass du es so weit gebracht hast, aber jetzt ist Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Habe ich nicht. Ich meine, das haben schon einige Trainer gesagt bisher und, äh... Ich konnte noch alle besiegen. Ich will, ich will ja auch nicht zu nahe treten, aber ich habe meine Zweifel daran, dass Edekoro das Pokémon sein wird, an welchem ich scheitern werde. Ich habe einfach das Gefühl, es hat nicht die Kampfstärke in sich, die dafür benötigt wird. Aber Level 47 Edekoro sieht man nicht alle Tage. Und es hat noch Gesang! Ich frage mich, ob das Edekoro überhaupt irgendwelche Angriffe noch gelernt hat nach Level 30. Das wird wahrscheinlich Duplex-Team. Oh mein Gott. Du versuchst, ein Stück Metall zu Ohrfeigen. Hör auf, Edekoro, das wird dich, das wird dich hinhauen. Ich werde jetzt keine Heilung dafür einsetzen. Wir werden das Geduldsspiel spielen und warten, bis wir aufwachen und dann machen wir Psychokinese. Seht ihr, diesmal hat der Duplex-Team auch nur zweimal getroffen. Dreimal mache ich natürlich, dreimal. Es war dreimal, nicht zweimal. Okay, ziemlich beeindruckend zu weit. Ich war kurz davor, besiegt zu werden. Und ein Voluminas. Ebenfalls sehr beeindruckend, aber wie steht es zu Erdbeben? Denn ich weiß, dass ich mir um seinen Angriff nicht so viele Sorgen machen sollte. Sollte auf jeden Fall eine Donnerwelle haben. Mir fehlt das kleine Schnäblein. Das war ein cooles Pokémon. Hätte ich nur die Herzstuppe zur richtigen Zeit schon gehabt. Wer weiß, was dann alles hätte passieren können. Ach ja. Und Level 24 für Coco. Gewissheit. Mein, besser als Silberblick. Auch wenn es fernab von einem guten Angriff ist. Warum kann es nicht einfach Steinwurf oder so? Kogno-Dons-Move-Set ist halt auch schon sehr daneben. Ich habe das jetzt gedreht und dann kann ich zu ihm rüber. Meine AP sind nicht komplett voll, aber wisst ihr was? Wir heilen noch kurz auf und dann ziehen wir los. Ich überlege, ob ich vielleicht sogar mit Baltikern anfangen will, damit wir direkt ein Lichtschild aufstellen könnten. Okay. Ach, der Arena. Puh. Wünsch mir Glück. Nur dann, Herausforderer. Es gibt nicht viele Trainer, die es schaffen, mich herauszufordern. Und die meisten hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich kam nicht mal ins Schwitzen. Seufz. Ich bin Arena-Leiter Volkner. Man sagt, ich wäre der beste Arena-Leiter in ganz Sinn, aber genug. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Hoffentlich bist du ein Trainer, der sich eines Duells mit mir als würdig erweist. Das würde ich auch sehr aufnehmen, ehrlich gesagt, Jacqueline. Okay. Mit was fängt er an? Die Wahrscheinlichkeit, dass es Gesteinsangriffe hat, ist hoch. Ah, wir müssen zum Streit in Max wechseln. Wir können auch, vor allem, wenn ich Lichtschild aufstelle, wenn es dann Durchbruch macht, das wäre absolut riskant. Es macht Gemaße. Komm schon! Versuch doch wenigstens was gefährlicheres zu machen. Das ist halt eine Menge KP. Die sinken langsam. Oh, Spezialverteilung ist gesunken. Das ist warum er ist dermaßen besiebt. Oh, der Kreuzsieb. Ich habe hier schon ihr seid zähl, aber da können wir mithalten. die Vertrag. Yeah! Verschwende deine Heilungen! Okay, dieser Kreuzsieb wäre für ungefähr alle anderen Pokémon tödlich gewesen. Ich meine, okay, Baldrian hätte es überlebt, logischerweise, aber gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Ein Nachtara. Hm. Aber ich sage, wir gehen direkt auf Baldrian rüber. Gute Sache ist, dass das Steinmuffset von Nachtara nicht so stark sein sollte. Sollte auf jeden Fall kein Toxin oder sowas drauf haben. Das wird mein Leben schon mal ungemein erleichtern. Machen wir einfach Käferbiss. Komm schon Baldrian. Nein. Die Finter. Nein, ja. Sollte nicht so wild sein. Ja, sie ist überhaupt nicht so wild. Baldrian, greife an. Yes. Vielleicht trägt ihr sogar eine Citro-Bäre. Ich habe bisher noch nicht einmal mit Käferbiss, seit wir ihn eingesetzt haben, eine Bäre geklaut. Das ist ein bisschen traurig. Das war auch der Angriff, den man Bären klaut. den Gegner sie trägt, oder? Baldrian, bleib ganz ruhig. Yes. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dass sich nicht von Nachtara zu sehr anfinden, das werden wir überstehen. Zum Glück macht das Nachtara also gar keinen Schaden. Hör auf, verwirrt zu sein. Es reicht lang. Wir sind genug Runden vergangen. Frage ist natürlich, wird er jetzt noch sein Nachtara heilen? Wer wird das einfach drauf gehen lassen? Ich würde sagen, ich werde so oder so Baldrian heilen, denn weiß Gott, was passiert, wenn er sich jetzt dazu entscheiden würde, sich vor Verwirrung selbst zu verletzen und dann auch von Nachtara getroffen wird. ich will nicht herausfinden, was dann passiert. Okay, keine Heilung. Sehr, sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir haben taktisch noch ein paar, äh, wir haben noch eine Runde Zeit und wir können schnell ein Lichtschild aufstellen, bevor wir dann Nachtara erledigen. Denn wer weiß, was dieser Lichtschild uns noch bringen wird. Ich sage, er könnte die Welt für uns verändern. Au, ein Volltreffer. Au! Vor allem, weil jetzt ein starkes Buch, wenn kommen sollte, zumindest ein hochgeleveltes. Starkes ist natürlich Ansichtssache. Ibitak. Level 48. Äh, was machen wir gegen Ibitak am besten? Nein, Sitzbank. Sitzbank! Sitzbank ist immer ein zuverlässiger Gefährte. Au, ist das ein Borschnabel. Uh, gefährlicher Angriff. Das ist wirklich gefährlicher Angriff. Au! So viel Schaden ist Sitzbank üblicherweise nicht gewohnt zu nehmen. Bei Borschnabel ist ein cooler Angriff. Das war übrigens der Grund, weshalb ich Ibitak trainieren wollte. Weil ich wollte, dass es vielleicht irgendwann Borschnabel lernt. Das war der einzige Grund, weshalb ich Ibitak überhaupt wollte. Jedoch haben wir auch schon gelernt, dass es keine gute Verteidigung hat. Sei es speziell oder physisch, einfach nur keine gute Verteidigung. Dementsprechend stirbt. Ah, stirbt ist sehr schnell. Okay, letztes Pokémon. Altaria. Oh, das ist so gut. Hier ist meine Trumpfkarte und hier ist meine Trumpfkarte. Bärenkräfte! Äh, ja, sicher. Okay. Bisschen seltsamer Angriff, aber ja, warum nicht? Und wir haben den 8. Orden erhalten. Bärenkräfte! Du hast mich besiegt, dein Wille und der erhabene Kampfstil deiner Pokémon. Ich war von diesem Kampf ganz begeistert. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Nein, weiß nicht, das liegt hauptsächlich an dir, ehrlich gesagt. Das war der aufregendste Kampf seit ich weiß nicht mehr wann. So wie du und dein Team kämpfen, ihr habt eine abenteuerliche Zukunft vor euch. Ihr könnt es tatsächlich sehr weit bringen. Hier ist dein 8. Orden, den hast du dir redlich verdient. Orden Nummer 8. Mit dem Lichtorden kannst du versteckte verschiedene Kaskade verwenden. Ja, ja, ja. Und wir bekommen TM57 und TM57 enthält Knochenhatz. Ich würde sagen, wir hauen erstmal ab soweit und überlegen dann, wem wir Kaskade am besten beibringen. Ich denke Rheuma. Ich denke Rheuma ist ein guter Kandidat dafür. Auf jeden Fall wir holen den Biber zurück für all unsere VM Bedürfnisse die wir haben. Denn dafür ist er da. Ich meine natürlich Bidifas. Ich weiß noch gerade nicht wie sie im Spiel heißt. Ich liebe den Anfang von dem Lied aus dem Gebiet und dann geht es richtig los und dann wird es ein bisschen nicht mehr so aufregend. Aber der Anfang das klingt ziemlich cool. Die Sphären die du unter der Erde gefunden hast sind wie Edelstein du kannst sie gegen alle nützliches eintauschen. Warst du kürzlich im Untergrund? Je nachdem wo du hinabsteigst gelangst du an verschiedene Orte deshalb kommt mein Forscher Sack an möglichst viele Orten zum Einsatz. Manche fallen dort und entschärfst du mit dem Touchpin und dem Mikrofon Der Untergrund war den Ewigen und Adam aus Fletburg sind verbannt. Mit Adams Sohn seit weit hinzu hat man ein Trio hervorragender Bergleute. Obere die Fahne deiner Freunde um die Geheimnisse aufzupolieren. Versuche deine Basis zu tarnen. Mach gleichzeitig die Basis deiner Freunde ausfindig. Wenn du das Fernvergebnis wachst jeden aufregend bei euch da drin. Wir können auch in den Markt reinschauen. Vielleicht haben wir hier noch ein paar neue Items die der Rede wert sind. Top Genesung ist auf jeden Fall der Rede wert. Da habe ich mir direkt 20 Stück verdient. Wenn ihr mich fragt. Die guten alten Übertränke sollte man auch nie unterschätzen. Top Schutz. Wie viel haben wir? Wir kaufen ein. 30 reichen vollkommen aus. Ich muss mich für die Segelstraße vorbereiten. Stahlbrief Luxusball. Okay. Ich will nichts davon. Ehrlich gesagt. So. Was gibt es hier sonst noch zu sehen? Ich glaube so viel gab es in Sonne gar nicht zu sehen. Ich glaube das war so ziemlich alles. Oh wenn das alles war bedeutet das dass wir los können. Leuchtturm waren wir den Häusern da oben Aha Eisen wie auf der Insel hier waren wir auf jeden Fall noch nicht kraxeln wir mal hoch Dies glitzernde grelle Ding das du da hast das echt cool ist das ein Poké und dann auch noch das neueste Modell sind nicht wunderbar ich arbeite für die Poké Gesellschaft dort entwickle ich Original Zubehör für den Poké Oh hey du bist doch ein Trainer oder du hast auch ein Pokémon verschiedene Wissensarten kann ich sie sehen Wesensarten Ein Blick auf ein ernstes Pokémon würdest du gerne werfen Lasch Zart Pro Solo Hast Robust Tut mir leid ich habe kein ernstes Pokémon bei mir und ich habe nicht vor das umzuwechseln und extra den Rahmen dafür umzueditieren um dir den Gefallen zu tun Ich denke wir werden eine Poker Erweiterung bekommen die jetzt nicht wirklich was bringt Felsen sieht aus wie ein Mamphaxo Soll das so oder ist das so ein Mamphaxo Moment Das ist ein riesiger Fels Das ist natürlich ein Pokémon Ich glaube das ist ein Zufall Ich glaube der Mamphaxo Fels ist ein Zufall Ich kann mir nicht vorstellen dass die das so geplant hatten Dann würde ich sagen ich gehe ins Pokémon Center und beim nächsten Mal bereiten wir uns auf eine Tour vor eine Tour zur Siege Nein Moment 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 Wir brauchen natürlich noch die gute alte Olive Ich bin übrigens im Endeffekt auch sehr froh dass wir Olive bekommen haben Ballkapsel Komm schon Das ist so Warum ist das so nervig geregelt Ja Ballkapsel Entfernen Okay Dann gehen wir rüber auf Lanas PC Dann bewegen wir das Pokémon Dann nehmen wir Olive Packen Olive rein Nein Packen dafür Kabum weg Okay Und dann bringen wir Olive noch Kaskade bei Denn Olive sollte so ziemlich alle vms lernen können Das ist so das Ding von Olive Dafür ist das Pokémon da Es ist der ultimative vmsklave Aber wir haben die vor allem noch gar nicht Dann hoffe ich dass Olive sie lernen kann Vielleicht werden wir sie direkt von Jasmin bekommen oder so Mal schauen Sollte auf jeden Fall nicht mal zu lang dauern Ich würde aber sagen wie das Ganze weiter geht sehen wir im nächsten Part von Pokémon Platin der Randomizer Challenge Challenge Vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und gute Nacht Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nazlock Challenge Beim letzten Mal haben wir den 8. Orden geholt und ich will nicht gemein sein aber folgt na Er hat sich nicht gut angestellt Und hallo du hier Hey was sehe ich da Du hast dir einfach alle 8 Orden aus der Sinnoh Region geholt Boah du das ist total abgefahren ich bin ganz neidisch Das ist total abgefahren Boah Aber du hast doch lange nicht gewonnen Weißt du was Weißt du warum Weil ich nämlich der stärkste Trainer überhaupt sein werde Glaubst du mir nicht Ist aber so Früher hab ich immer geträumt eines Tages wie mein Papa zu sein Aber jetzt stehen die Dinge anders Jetzt hab ich darüber nachgedacht was es heißt ein Trainer zu sein und darüber was Pokémon sind Schritt für Schritt werden wir immer zäher werden Für den Moment werde ich dich Was ich sagen will ist dass ich dich in der Windesteile eingeholt hab Also beeil dich zur Pokémon Liga zu kommen Sonst siehst du von mir nur noch einen Kondensstreifen Okay War das ein Freund von dir Ich finde es so schön anzusehen wenn Leute sich mögen Das macht mich immer ganz glücklich Ja Okay Seltsame Aussage Okay Muss es nicht schön sein einen guten Freund zu haben Jemand mit dem man alles wirklich alles teilen kann Jemand an dem man sich messen kann ohne dass man gleich streitet Nein Ich mochte die Rivalen mehr die sich gestritten haben Aber Okay Irgendwie wird mir ganz warm wenn ich euch beide sehe Vielleicht findest du das ja seltsam Ich möchte dir gern dies geben Zum Dank Es war nicht viel Aber Es ist die VM nach der wir gesucht haben Diese versteckte Maschine enthält Kaskade Verwendest du sie kommst in die Pokémon Liga Ich weiß nicht wie ich das sagen soll Viel Glück Danke Danke Seltsame Ansprachen die du vorgegeben hast Aber Dankeschön Ich weiß das mit dem Glück sehr zu schätzen Also Kaskade Kein Angriff der uns wirklich was bringt Aber Olive wird sich darüber freuen diesen trotzdem entgegen nehmen zu können Denn Olive hat all die VMs die wir benötigen Okay Dann gehen wir mal weiter Das Wasser ist tief blau Route 223 Wir können hier ebenfalls noch was fangen Und es wird Absol Das ist nicht so stark Glaube ich Ich bin mir fast sicher Ich bin mir nicht zu 100% sicher Aber ich denke es sollte nicht allzu stark sein Bleib einfach im Ball Absol Okay Bleib einfach drin Ihr habt keine Lust Dankeschön Ich hab keine Lust mir mehr Mühe für dich geben zu müssen Aber es ist das Unwetter Pokémon oder sowas Absol hat der Mystery Dungeon Team Blau den super coolen Aufsicht sollte Team Blau mal wieder durchspielen Man glaubt Man glaubt dass der Arne mit seinen Hörnern Katastrophen voraus Aus Angst Floße die Berge Katastrophen Dann nennen wir dich Kat 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 Yeah Okay Cool Machen wir weiter Ich bin entschlossen, dir zur Pokémon-Liga zu gehen, egal wie hart es werden wird. Dann kann ich dir versichern. Es wird ein harter Ausflug für dich. Knuddel-Luft von Cool-Trainer. Ich denke, mit Knuddel-Luft werden wir soweit fertig. Ich recht, Baldrian! Das setzt mich am besten ein. Ich hoffe, wir sind halt beide echt nicht gut. Baldrian, Baldrian, Baldrian. Du musst wirklich irgendwann die guten Anriffe lernen. Sonst mache ich mir ein bisschen Sorgen. Die gute Sache ist, dass uns nicht mehr viel bis dahin fehlt. Aber die schlechte Sache ist, dass uns noch ein bisschen was bis dahin fehlt. Und ich mache mir immer noch Sorgen darum. Denn Baldrian ist nicht stark. Ich glaube, ich soll es auch von der ersten Stelle wegpacken, solange wir EP-Teile haben. Und ja, wie gesagt, mein Plan ist, nach der Segestraße, dass ich mir ideal von meinen Pokémon dann ungefähr bis Level 53 trainieren werde. Das heißt, bis dahin wird Baldrian zu neuem Leben erwachen. Glücklicherweise. Es sollte bis dahin auf jeden Fall Luftschnitt gelernt haben, was schon mal echt hilfreich wäre. Okay, und jetzt Ladestrahl! Und wir haben diesen Kampf gewonnen. Dumme Ladestrahl. Ich hasse es, dass das so einer der Angriffe ist, die wir mit Baldrian einsetzen müssen. Weil Baldrian hat einfach nichts Gutes gelernt. Oh, das ist wirklich ein Problem. Es ist so hart. Diese Punchline schreibt sich quasi wie von selbst. Sie hat von dem aufgepusteten Ball gesprochen. Ziemlich unangenehm, wenn man seine aufblasbaren Strandutensilien stark aufpustet. Sie sind einfach zu hart. Du spielst ja mit einem kleinen Kind und wirfst ihm den Ball gegen den Kopf und er wird bewusstlos. Dann musst du den Eltern erklären, was passiert ist. Und die sind üblicherweise nicht begeistert zu hören, dass du ihr Kind gerade mit einem Strandball K.O. geworfen hast. Habe ich gehört. Nicht, dass ich das bestätigen kann, aber ich habe es gehört. Und nun steht ein weiter Weg bis zur Siegelstraße vor sich gerade. Das ist eine lange Route hier. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich würde fast sagen, das ist so eine lange Route, dass wir mal wieder einen guten alten Klassiker rauskrabbeln werden. Nämlich drücken wir auf den Vorstuhl-Button. Vor Stuhl nicht. Vor Stuhl. Ich habe Vor Stuhl gesagt, aber wir spulen vor. Denn hier werden nur Trainer sein. Ich würde eigentlich echt gerne mit der Siegelstraße anfangen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Diese Explosion. Volltreffer. Er hat fast den strammenden Max gekillt. Mit einer dummen Explosion. Oh mein Gott. Koko will Antikkraft lernen. Ist nicht wirklich ein hilfreicher Angriff, aber... meine bessere Verfolgung schätze ich. Koko erreicht Level 30. Okay. Das bedeutet, die Entwicklung steht kurz bevor nur noch das Krawumms aus dem Weg räumen. Außerdem Zappelfils Erdbeben, das hat auch ein kräftiges Krawumms, denn... Ähm... Ich meine, ich hatte ja schon so eine Vermutung, aber dieses Erdbeben räumt die meisten Pokémon einfach instant weg. Äh, Krawumms ist ja schon ein bisschen stärker. Es hat knapp überlebt, aber mein Gott, das ist ein sehr starkes Erdbeben. So, äh, am Rande. Okay. Was bekommen wir statt Koko? Oder was wird aus Koko? Wir behalten ja Koko an sich. Ich bin schockiert. Nein, wirklich. Ich bin schockiert. Hey, Koko entwickelt sich. Oh, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, das ist eine Überraschung, wenn ich jemals eine gesehen habe. Aber ich freue mich darüber, denn Ramaydon ist super cool. Äh, es hat nur... Es hat absolut keine Verteidigung, aber es hat Angriff. Das heißt, ich werde mich sehr darüber freuen, äh, einen Ramaydon für die Top 4, äh, vorbereiten zu können. Denn da, wo dieses Pokémon hinschlägt, wird so schnell kein Gras erwachsen. Problem ist, dass es uns nicht dabei hilft, äh, unsere Kampfschwäche loszuwerden, aber... Äh, das ist das Leben. Koko's Angriff sollte halt so hoch sein. 113. Und es ist auf Level 30. 113. Deswegen schwindig hält es halt auch echt nicht gut, aber... Lass mich mal eben nachschauen, was Ramaydon so alles lernt. Ähm... Es lernt auf Level 52 Kopfstoß und sonst keine Gesteinsangriffe durch Level-Ups. Okay. Das Problem ist, Kopfstoß, damit fügt es sich selbst Schaden zu. Ähm... Äh... 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 Ähm... Ich glaube, Ramaydon wird uns dazu nichts bringen. Stand-of-52 einen Angriff und das ist der Angriff, in dem es sich selbst Schaden zufügt. Und davon nicht, äh, zu knapp. Ich weiß nicht, ob das wirklich, äh, für den Nasroth-Challenge, vor allem in Kompensation mit seiner niedrigen Verteidigung, wirklich hilfreich ist. Warum lernt es nur einen Gesteinsangriff, also nur einen physischen? Das ist doch Schwachsinn. Was ist denn das... Manchmal werfen die Movesets von den Pokémon so große Fragen für mich auf. Ich weiß, es ist ein Gesteins-Pokémon, aber es lernt einen einzigen Gesteinsangriff, den tatsächlich was bringt. Und das ist der letzte Angriff, den es jemals lernen wird. Das ist doch Schwachsinn. Oh, dieses Garados ist gefährlich. Garados ist immer ein relativ kritischer Gegner. Außer wir gehen auf Sitzbank über. Ich denke, Sitzbank sollte alles ganz gut austanken können, aber... Uh, Garados. Unangenehm. Recht, Garados. Nass Schweif. Wie schade macht der in Sitzbank? Na, Sitzbank tankt das aus. Alles unter Kontrolle. Oh, oh. Wir sind da. An der Pokémon-Liga. Das bedeutet, wir können ja noch ein Pokémon fangen. Was schon mal ganz gut ist. Aber ich denke, ich werde erstmal kurz mich heilen. Und das ist auch noch heilendes Gebiet, die Siegestraße. Richtig? Richtig. Oh, wir haben direkt noch zwei Pokémon vor uns. Huch. Der Weg, der war ein bisschen langwierig. Und glaubt mir, ihr habt nicht allzu viel verpasst. Es ist wirklich... Es ist nichts passiert. Ja, ich habe euch gezeigt, was passiert ist. Aber es war eigentlich nicht viel. Und wir haben Bram Maidon bekommen. Ich bin immer noch nicht ganz allzu begeistert davon. Ich dachte, es wäre cool. Aber es lernt halt... Warum lernt es auch Steinkante und sowas nicht? Einfach nur diesen dummen Kopfstoß. Ich weiß nicht, es gibt Sinn, dass es Kopfstoß lernt. Steht mich an der Stelle nicht falsch. Es ist nur... Warum lernt es nichts anderes? Also keinen anderen Gesteinsangriff. Ist halt dumm. Warum ist die Musik von der Pokémon-Liga hier so traurig? Ich laufe übrigens gerade hin und her, damit der Topfschutz abläuft. Denn wenn der aktiv ist, können wir wohl kaum Pokémon fangen. Komm schon, sei was Gutes. Sei was Gutes. Es muss ja doch wilde Pokémon geben, oder? Oder? Yeah, es gibt welche. Okay. Oh mein Gott. Zwift ins Level 50. Level 50? Okay. Okay, wisst ihr was? Los geht's. Oh. Yes. Ich muss ja gar nicht erst drüber nachdenken. Ohohoho. Spherefinst. Oh mein Gott. Und es ist schon direkt gelevelt, so dass wir es verwenden können. Greifer. Man sagt, dass es verlorene Seen und seine Pixar mit Körper nach Hause geleitet. Oh mein Gott. Zwirri. Das ist eine gute Zwirri. Oh. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das ist so ein guter Encounter. Oh mein Gott. Ich denke, das war ein Meisterball wert fürs Protokoll. Außerdem, es gibt hier wilde Pokémon auf Level 50. Das bereitet mir doch ein bisschen Sorgen. Also, wie sieht's aus, Zwirri? Was kannst du alles? Sacht liebt Kämpfe. Oh mein Gott. Schaut euch die Stats an. Fluch, Ehrlicht, Finsterfaust, Horrorblick. Es ist auf jeden Fall Luft nach oben an der Front. Oh Gott. Die Ballkapsel. Natürlich die Ballkapsel. Moment. Wir kümmern uns um die Ballkapsel. Und dann schauen wir noch kurz durch unsere TMs. Denn wir hatten noch den ein oder anderen Geisterangriff. Entfernen. Dann, äh. Pokémon bewegen. Zwirri. Ins Team. Und Coco, es tut mir leid. Aber du bist raus. Dann würde ich noch gern zu meinen Ballkapseln gehen. Denn, äh, wir müssen da noch was überarbeiten. Und zwar die Ballkapsel von, äh, die der Stramme Max gerade hat. Das ist zu 100% die richtige für Zwirri. Welche bekommt der Stramme Max aber dafür? Siegnoten? Stramme Max bekommt ein Herz von mir. Das hat er sich verdient. Und Olive bekommt Noten aus irgendwelchen Gründen. Ist einfach... Olive liebt einfach Musik. Kann... Kann gar nicht aufstehen, ohne das Radio laufen zu lassen. Das ist, wie es ist. So. Dann lass mich doch mal kurz durch unsere TMs schauen. Wir hatten doch irgendeinen Geisterangriff hier. Ich bin... Ich mein, Spukball haben wir schon. Kreuzschere, Durchbruch. Nein, nein. Das will ich alles nicht. Ich möchte die Dunkelklaue. Die wäre nämlich echt cool. Yes! Zwirri kann die Dunkelklaue lernen. Oh, yes! Ich mein, Horrorblick kann, denke ich, weg. Nein, wisst ihr was? Fluch kann weg. Nein, Fluch ist eine dumme Idee. Dann verlieren wir die Hälfte unserer KP. Fluch ist keine Überlegung wert für mich. Okay. Dann würde ich sagen, ähm... Das ist ein grundsolides Team. Wir müssen ihm natürlich noch ein Item geben. Ich denke, ich werde einfach den Bandsticker wählen, ehrlich gesagt. Denn ich weiß, dass wir den haben. Mindestens einen davon. Ich muss ihn noch finden. Aber ich weiß, dass er... Spuktafel. Nehmen wir doch die Spuktafel einfach. Macht ihr das Gleiche? Gut. Dann, ähm... Schauen wir mal, was wir noch in der Pokémon-Liga selber fangen können. Und hier kann ich meinen Finsterball verwenden. Ich mache natürlich in der Siegestraße selber. Oh mein Gott! Ich werde gleich ohnmächtig, wenn wir so weitermachen. Flott, mal los! Das Problem ist nur Stahl und der Boden sind zwei Typen, die uns nichts bringen. Aber oh, das ist ein Pokémon. Vernünftiges Pokémon. Solche Pokémon stellen sie heutzutage gar nicht mehr her. Ich glaube, es hat in der Generation auch noch nicht das beste Moveset, aber wir werden es trotzdem mitnehmen. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen, wann uns das mal von Vorteil sein wird. Oh ja, ich werde es jetzt noch ein bisschen schwächen müssen. Das hat wahrscheinlich ein, was das für eine Verteidigung hat. Zappel, Phil! Ich würde fast darüber nachdenken, einfach ein Erdbeben zu machen. Aber ich glaube, das Erdbeben könnte dann doch ein bisschen zu viel des Guten sein. Deswegen werden wir uns langsam vorantasten. Langsam, aber sicher. Sägesang ist ein bisschen nervig, wenn er nur 2 KP heilt. Steinpolitur. Ach Gott, das Wuster vom Stahl ist das entsetzlich. Es ist gerade Feuer oder dem Steinpolitur. Fluch und... Vielleicht noch irgendwas, das nicht der Rede wert ist. Scheinliche Agilität oder sowas. Ja, das ist... Ja, ja. Steige nur deine Initiative, Stahlos. Das wird bestimmt hilfreich sein, irgendwann für irgendwas. Und jetzt können wir ein paar Bälle werfen. Ich glaube, viel weiter will ich es gar nicht anschwächen. Fluch. Ja, ja. Mach einfach weiter, Stahlos. Lass dich von mir nicht aufhalten. Du schaffst das. Stahlos wäre, glaube ich, auch echt gar nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt irgendwann auch mehrere Angriffe lernen würde. Oh mein Gott, das Zwirfenst. Mir ist gerade wieder auffällig, dass wir ein Zwirfenst bekommen haben. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so dermaßen gut. Stahlos. Das ist die Stahlbohr. Man glaubt, dass sich sein Körper aufgrund des Schluckens von eisenhaltiger Erde verwandelt hat. Hm. Äh. Wir hatten schon mal einen Stahlos. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Aber mir fällt ein Name ein, okay? Das ist die Stahlbohr. Also nennen wir es... Boah. Yeah. Guter Name. War die, äh, Wartezeit wert, wenn ihr mich fragt. Ah, ansonsten werde ich jetzt den Schutz rausholen. Und dann marschieren wir los in die Siegelstraße. Schauen wir, wie es laufen wird. Ich, ich würde mich nicht auf, äh, gute Ergebnisse einstellen, aber... Hey, es ist nicht das Erste, was wir in der Siegelstraße sind. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Du, das heißt Pyroh. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher an die Lüfte ansteigen kann. Aufsteigen. Ich habe auch mal die Hoffnung, dass die Siegelstraße in Generation 4 vielleicht gar nicht mal so riesig ist, aber... Oh, das ist ein würziger Anfang. Zappelfill ist leider nicht der richtige Gegner gegen einen Legende und Feuervogel. Aber Sitzbank würde sich nur zu sehr freuen, erneut gegen einen Ho-Oh zu kämpfen. Das ist nicht das Erste, dass sie sich gegenüberstehen. Sternenschauer. Kein Angriff, vor dem ich Angst gehabt habe, muss ich ehrlich gestehen. Also, äh, Surfer. Es ist okay, Ho-Oh, du kannst Sterne von mir regnen lassen. Ich sehe das und wir sind alle stolz auf dich und das ist bestimmt ein super Angriff, aber kannst du bitte gehen? Wir sind hier auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Wenn du keinen richtigen Angriff fährst, dann geh. Au, aber... Weniger als die Hälfte Schaden genommen. Das muss man auch erst mal schaffen. Es ist ein Feuer-Pokémon, das mehr als zwei Surfer von Sitzbank überstehen wird. Das passiert nicht so oft. Passiert es halt wirklich nicht. Schau euch das an. Es hat einfach KP bis, äh... Keine Ahnung, bis rüber nach in die Höhenregion. Oh, wirklich, jetzt kommt der Sonntag. Bisschen spät dafür. Oh, und das war Ho-Oh. Bisschen zäh, aber ich denke, wir haben es ganz souverän down bekommen. Gleiches ist Sonnenlicht. Wer wird unser nächster Gegner? Es ist ein Girafarik. Ich denke, das ist, äh... Damit werden wir fertig. Das scheint mir ein bisschen... Schon fast enttäuscht nach dem Ho-Oh zu sein. Auch wenn es mehr Schaden austeilt als das Ho-Oh. Das heißt, vielleicht solltet ihr Girafarik einfach mal nicht so sehr unterschätzen. Ihr solltet es aber auch nicht überschätzen. Es gibt auch keine Erfahrungspunkte. Scheint, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja. Das ist meine Stärke. Expertengurt. Heia! Ich mag es, dass wir gefunden haben, während der Typ da oben steht. Das ist sehr passend. Ich schaue gar nicht erst nach, was es ist. Denn dann muss ich wieder von meinem Top-Schutz wegscrollen. Und ich will nicht. So, wir schauen mal nach unten. Der Aufbau hier ist... Oh, wir haben gar keinen Kraxler gerade dabei. Der Aufbau hier erinnert mich sehr stark an die, ähm... An die Siegestraße aus der Höhenregion, muss ich sagen. Ich kenne aber jemanden, der gerne Kraxler lernen würde. Habe ich recht, Oliver? Dafür kommt der Sandwirbel weg. Und Stärke haben wir, äh... Olive auch gar nicht beige... Moment, wir brauchen Stärke gar nicht. Stärke hatte irgendjemand anders gehabt. Warte, haben wir noch jemanden mit Stärke? Moment. Oh ja, Zappel fällert Stärke. Ich dachte gerade, haben wir das überhaupt noch? Das heißt, wenn ich theoretisch, äh... Im schlimmsten Fall kann ich in Liebe noch Zertrümmerer beibringen. Und dann haben wir eigentlich alle VMS, die wir brauchen sollten. Ich bin ein Psycho. Äh, ich meine, ich habe psychische Fähigkeiten. Ich sehe deine Zukunft. Okay, sehr, sehr... Und wie so oft stehen wir uns gegenüber. Wisst ihr was? Diesmal wechseln wir Zwiri rein. Zwiri, du sollst auch mal den Feind unseres Teams kennenlernen. Das ist Tornupto. Tornupto nervt uns schon seit Flori. Seit wir mit Flori fertig sind, haben wir ständig einen Tornupto bei uns. Das nervt. Jetzt ist also dein Zeitpunkt gekommen. Dein Moment gekommen, um es auszuschalten. Zwiri hat sehr wenig KP. Aber der Schaden ist durchaus potent. Ich dachte, Finsterfaust hat die Erstschlaggarantie. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Zwiri braucht auf jeden Fall vielleicht noch ein paar EVs, zugegeben. Aber ich glaube an Zwiri. Vielleicht sollte ich mit Zwiri auch einfach gegen ein paar schwache Pokémon mal kämpfen, damit es einfach EVs sammelt. Papinella? Ja, das ist zu viel für uns. Das können wir nicht bringen. Ja, Sitzbank wird das schon erledigen. Käfergebrumm. Hey, warum lernt er... Oh Moment, vielleicht lernt er... Baldrian. Hieß er Baldrian? Warte, Moment. Wie, wie? Ich wollte er bald genannt. Beziehungsweise in dem Fall... Baldrian, doch es war Baldrian. Vielleicht lernt er Baldrian ja noch, Herr Käfergebrumm. Ich bin mir gar nicht sicher. Es lernt auf jeden Fall nach der 50er alle seine Angriffe, die für irgendwas gut sind. Vielleicht wird Käfergebrumm auch dabei sein. Ich wollte mich sonst nicht ganz beschweren. Warum lernt das mein Käfergebrumm? Warum lernt... Finster kein Käfergebrumm? Finster hätte auch so viel mehr Angriffe lernen sollen. Ich mach mich hier immer noch ein bisschen wütend. Und ein Farbiegelbiegel. Farbiegel. Äh, Surfer, denke ich. Surfer ist ja immer ein effizienter Angriff gegen... Farbiegelbiegel. So redet es immer in Pokémon Channel. Farbiegelbiegel. Farbiegel. So sei es, ich werde nur deine Zukunft enthüllen. Aha. Klingt so, als wärst du ein Psycho. Ehrlich gesagt. Ohne ihr zu nahe zu treten. Schocksamen. Die besitzen wir bereits. Müsste kurz weg. Bin aber wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt meine Abwesenheit nicht zu sehr gespürt. Oder mich vermisst. Oder beides. Äh, ja. Wir wollen ja auf jeden Fall wieder nach oben gehen. Wisst ihr was? Wenn wir schon wieder auf dem Rückweg sind. Ich würde sagen, es ist in der Zeit, die Siegestraße zu verlassen und ins Pokémon Center zu gehen. Denn ich mache mir vor allem AP-technisch ein bisschen Sorgen. Ich weiß immer noch nicht ganz, warum die Musik bei der Pokémon Liga, beziehungsweise vor der Siegestraße, warum die so melancholisch ist. Ich meine, ist das irgendwie, ist das was Trauriges, wenn man hier ist? Wahrscheinlich, weil das Abenteuer dann bald vorbei ist. Das hat wohl einen gewissen Traurigen untertonen, aber komm schon. Der ist auch schon ein bisschen sehr dick aufgetragen. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Oh, Schreck! Ich meine, das bedeutet, ich werde auf jeden Fall den neuen aktivieren. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier gut durchkommen werde, wenn ich gegen wilde Pokémon noch kämpfen muss. Zusätzlich zu den ganzen Trainern. Ab irgendeinem Punkt werden dann nämlich meine Ressourcen alle aus sein. Und das würde ich doch gerne vermeiden, wenn ich die Möglichkeit hätte. So, ansonsten. Es sei auch, dieser Siegestraße ist ein bisschen... Ich würde fast das Wort leer verwenden. Ich meine, weil mein läuft viel umher, aber irgendwie ist es niemand da. Ich weiß auch nicht. Bisschen seltsam. Das haben wir auch oft gesehen. Und ich freue mich jedes Mal, denn Ledian ist einfach nur Gratis-Erfahrungspunkte. Ich habe auch eins. Ich habe auch ein eigenes Ledian. Habe ich eins? Warte, habe ich Ledian gefangen? Oder habe ich es gekillt? Ich glaube, ich habe es gefangen. Weil es doch ein bisschen mehr Verteilung hat, als ich zunächst dachte. Aber auch nicht viel mehr. Wisst ihr was? Ich fühle mich mutig. Erdbeben! Ich fühle mich mutig. Ich denke, wir werden keinen Flammenwurf abbekommen. Dafür ist Zappelfill nämlich stark genug. Und meine Einschätzung war goldrichtig. Zappelfills Erdbeben ist halt sehr stark. Und Level 48. Weißnebel. Was macht Weißnebel nochmal? Einwander schützt das Team mit Nebel verändert Status-Senkungen für 5 Runden. Ich werde es eh nicht einsetzen. Und ein Girachi. Wisst ihr, was das Problem an Girachi ist? Gefundenes Fressen für ein Erdbeben. Ja, das wird das Erdbeben. Wirst du das Erdbeben überleben? Jetzt bin ich gespannt. Wenn es das überlebt, muss ich sagen. Ja, das ist nicht umsonst legendäres Pokémon. Dann kann ich mir diese Ansprache an dem Punkt auch einfach sparen. Denn... Hat absolut nicht überlebt. So hast du also gekämpft? Fragezeichen. Ja, ja, so habe ich gekämpft. Fragezeichen. Zuerst nein. Fuck, Mensch, da magst du eine erste Stelle. Baldrian muss an sich auch trainieren. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt gegen Tränen aktuell kämpfen will. Ohne Energie für Bäre. Oder ob ich nicht lieber bei Baldrian versuchen werde, er ihn dann später gegen Wilde prokonzentrieren, damit er sein Zeug lernt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Zertrümmerer. Da hatte ich aber schon so eine Vermutung. Das heißt, wir haben gerade so genug VMs dabei. Welche Attacke soll vergessen werden? Die eine, die noch übrig ist, würde ich sagen. An der habe ich absolut kein Interesse mehr. Also. Gehen wir erstmal nach unten. Schauen wir uns das da unten an. Ich weiß nämlich nicht ganz, wo ich hin muss, sagt. Hm, da scheint es auch weiter. Wisst ihr was? Gehen wir erst oben entlang. Hier kann ich mit einem Fahrrad umherspringen, was ein bisschen nervig ist. Dann werden wir Stärke aktivieren. Ich mag es, dass man die VMs jetzt mal aufs Neue alle aktivieren muss. Das ist, ähm, überhaupt nicht nervig oder so. So, überhaupt kein kleines bisschen. Der kommt auch weg. Nein. Jetzt will ich hier nur ein kleines bisschen rüberspringen. Das war ein kleines bisschen zu weit. Wie mache ich das jetzt am besten? Schutz wirkt nicht mehr. Komm schon. Wir müssen das jetzt machen. Ich, äh, ich darf nicht zu viel Anlauf nehmen. Vielleicht sollte ich auch einfach in einen anderen Gang schalten. Um da nicht zu weit zu springen. So quasi. Yeah. Eisenkugel. Cool. Ich weiß bestimmt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ist mir auch egal. Lass mich vom Fahrrad absteigen. Das stört mich. So. So weit, so gut. Hallo, Trainer. Ein Blick und ich weiß, dass ich jetzt mit einem wahren Anwärter zu tun habe. Du meinst, weil ich in der Siegestraße bin. Ich meine, ja, das ist, äh, yeah, yeah. Die meisten, äh, Top-4-Anwärter oder, äh, Top-4-Gegner, die die Chance haben, den Champ zu besiegen, äh, gehen hier durch. Ach, Doppel-Team, wirklich. Was soll es jetzt sein? Aber der Strabe-Max lässt sich nicht beirren. Seine psychokinetischen Kräfte sind dennoch stark genug, um das Ziel zu erkennen. Und dann der Metallklaue. Oh mein Gott. Not-Situation. Oh. Geschickter, äh, geschickter Spielzug an der Stelle. Ich meine, das hat meine, äh, Strabe-Max sehr geschwächt. Wohl Nona. So, wir werden den Strabe-Max aufheilen. Ich, äh, denke nämlich nicht, dass wohl Nona ist. Wird sowieso wahrscheinlich nur Gloot können, dass es damit, äh, den Strabe-Max killen kann. Aber wenn es eventuelle Verfolgung hat, hätte, könnte er direkt, äh, sterben. Und das Risiko würde ich gerne nicht eingehen. Ja, das, äh, Wohl Nona ist mit keinem brauchbaren Moveset gesägt. Nett. Au. Das war dennoch sehr, äh, stark. Okay, dann, ähm, Sitzbank. Sitzbank. Sitzbank, ist es an der Zeit für dich zu surfen? Bodyguard, das ist okay. Immerhin hat wohl Nona wirklich keine brauchbaren Angriffe. Das macht es, äh, sehr viel angenehmer, mit diesem Pokémon fertig zu werden. Ja, auch wirklich konfus. Strahle, komm schon. Komm schon. Das ist nicht nötig. Das ist einfach nur nervig. Und ich werde fast alle KP, die ich verloren habe, mit Überreste wieder auffüllen. Und versuchen wir nochmal einen Surfer. Während der Wohl Nona sein Glück mit, ähm, Glut versucht und... Ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, das mit der Glut klappt nicht gut. Nicht jeder Gluter ist ein Guter. In dem Fall war die Glut nicht gut. Sie war schlecht. Und Larker. Hey. Hey. Oh, Giratina. Das ist der Chef der Zerrwelt. Oh, und er nimmt nicht viel Schaden durch Larker. Aber gut. Giratina, falls es überhaupt ein richtiger Name ist. Wie stehst du zu Eisangriffen? Oh. Hm. Schemenkraft könnte ein bisschen wehtun. Mal schauen, wie sehr... Okay, ehrlich gesagt... Ich vermute, dass das der Signaturangriff von Giratina... Allgemessen daran war das nicht allzu stark. Ehrlich gesagt. Also ich rate, dass wir das Ganze nochmal machen. Yep. Das Problem ist, dass es Verzweifler hat. Oder wie auch immer das Ziel ist, womit jeder Angriff zwei AP kostet. Aber warum weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden Fall, das hat es und das ist nicht gut. Machen wir erstmal einen Konfu-Strahl. Wie wahrscheinlich hätte das Giratina das Ganze nochmal macht, zu verringern. So, wenn es sich einmal vor Verwirrung selbst verletzt, kann ich es direkt mit einem Eichstrahl killen. Komm schon. Und es ist weg. Hm. Ja, ich könnte wahrscheinlich versuchen, noch einen Angriff auszuhalten, aber... Wie wäre es, wenn wir das nicht machen würden und stattdessen lieber einen Hyper-Trank verwenden. Wäre das nicht ein wundervoller Plan. Und es setzt Schemen-Kraft ein. Cool. Scheint es nicht wirklich weiter... Oh mein Gott, es macht so viel Schaden. Scheint es nicht wirklich weiter von mir beeindrucken zu lassen. Oh mein Gott. Es reicht langsam. Es ist echt nervig. Vor allem jetzt kann ich es nicht mal killen. Und ich habe keinen Eisstrahl mehr übrig. Eisstrahl. Friere bitte ein Giratina. Das würde ich zu schätzen wissen. Einfrieren. Nein. Okay. Es wird eh wieder Schemen-Kraft einsetzt. Wer kann Schemen-Kraft überleben? Zappel-Phil hat es in sich. Das fühle ich. Oh, es ist wieder weg. Eiszahn. Zappel-Phil ist schneller, okay. Interessant. Nicht unbedingt gut, aber interessant. Ist aber nicht unbedingt schlecht. Es hätte so oder so nicht viel geändert. Puh. Wir haben Giratina besiegt. War ein bisschen nervig, muss ich ehrlich gestehen. Oh, was war das andere Puppe nochmal? Wer war das andere? War das wohl Nona oder so? Naja, das ist wohl Nona lebt ansonsten noch. Ich denke, mit dem wären wir auch noch fertig. Erdbeben. Die Frage ist natürlich, sollte ich mich jetzt besser mit dem Fluchtsaal nach draußen begeben? Oder will ich versuchen, hier drin zu bleiben? Ohne, äh, Eisstrahl. Oder wir verwenden einfach... Ah, nein, warte. Top-Ether sollte ich für den Top-4 aufheben, falls wir da was brauchen. Na, ich gehe raus. Das ist mir zu gruselig, das Ganze ohne... Ähm... Ohne genügend AP zu versuchen. Es kann so viel schief gehen. Wir kommen in der Pokémon-Liga. Wir heilen jetzt Pokémon. Und dann gehen wir zurück. Oh Gott, dieses Giratina-Wagen. Wirklich gefährlich. Mit dem will man sich nicht anlegen. Es wird so, als wäre es ein Gott oder sowas. Ne, ich weiß ja nicht. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Okay. Zurück. Äh... Na, warte. Das war falsch. Ach, komm schon. Okay, wir gehen weiter zurück. Ich hätte den Stein unten erst mit Zertrümmerer wegmachen sollen. Aber immerhin muss ich jetzt die ganzen VMs wieder aktivieren. Ich denke, Zertrümmerer-Felsen sollten zertrümmert bleiben. Und Stärke sollte aktiviert bleiben. Warum muss ich das überhaupt immer von der Hand aktivieren? Ich habe doch ein Pokémon dabei, das Stärke kann. Oh, pass auf. Was wir machen. Wir machen das. Machen wir das weg. Und dann schieben wir den Felsen noch eins weiter nach unten. Ja, das ist ein Rätsel. Und dann kommen wir zum nächsten Ast-Trainer. Ich hoffe, du hast keinen Giratina als Pokémon. Das ist wirklich sehr zu schätzen, wissen. Das ist ja Fremde. Wird bei der Prüfung sein, um zu sehen, ob ich die Fähigkeit besitze, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Ich glaube nicht, dass du die Fähigkeiten dafür besitzen wirst, ehrlich gesagt. Vermutlich hast du auch noch zwei Pokémon oder so. Oh. Ja, mit zwei Pokémon wirst du die Top 4 nicht besiegen. Das kann ich dir direkt versprechen. Auch wenn er eins davon Raikou ist, was ziemlich cool ist. Aber, oh, komm schon. Das wird meine ganzen AP-Verschlägen. Ich habe jetzt schon nur noch acht. Und der Funkensprung. Sein nicht paralysiert. Danke, Strabamax. Gute Arbeit dann, der nicht paralysiert sein Front. Und da können sich die anderen noch eine Scheibe von abschneiden. Und das war Raikou. Nächstes bekommen wir ja ordentlich Erfahrungspunkte hier in der Gegend. Und ein Snoop-Billy-Cut. Eine interessante Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Angriffe kann, die tatsächlich Schaden austeilen können. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Es ist sehr zu viel für immer Ränkeschmiede ein. Aber hat es Spezialangriff? Ich habe nämlich langsam so meine Zweifel daran. Ich habe bisher noch keinen gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es Ränkeschmiede und Verhöhne einsetzt. Na gut. Das war dann wohl dieser Ast-Renner. Aber ja, ich habe das Gefühl, mit dem Team aus der Raikou und Stabilikat. Könnte schwer werden, die Top 4 damit zu besiegen. Man würde meinen, man braucht ein etwas ausgeglicheneres Team. Und generell vielleicht ein, zwei Pokémon mehr. Ich meine, viele Möglichkeiten hatte ich jetzt eh nicht. Oh, der alte Mann will kämpfen. Ich dachte, der heilt mich oder so. Lass mich sehen, wie gut deine Pokémon kämpfen können. Ich bin mir wirklich sicher, dass er mich heilen wird. Aber in seinem Sprite sieht er dann auch gar nicht mehr ganz so alt aus. Und er hat ein Schlappohr. Er ist also einer von diesen alten Männern. Ich glaube, der Irrschlag verwirrt dich zu 100%. Richtig? Richtig! Yes! Der Schlappohr ist ziemlich schnell. Psychokinese macht eine gute Hälfte. Komm schon. Bleib stark, Strabamax. Nicht verwirrt. Zweimal nacheinander. Komm schon. Oh, der Volltreffer. Ich glaube, ansonsten hätte es eventuell nicht reichen können. Und ein Ursaring. Beängstigend. Gefährlich. Sonst hatte Jochen auch mal. Und es konnte nicht wirklich irgendwas, mit dem es wirklich angreifen kann. Wie sieht es bei dir aus, Ursaring? Willst du Lockduft oder Grimasse einsetzen? Schlitzer! Ich wünschte Jochens Ursaring hätte das drauf gehabt. Aber da ist mir wohl ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Aber ja, war auch sonst nicht halt so stark. Brillant! Dankeschön. Ich gebe mir Mühe, so brillant zu kämpfen wie nur möglich. Ich glaube, ich packe Sitzbach mal eben an die erste Stelle. Warte, wir können auch Baldrian an die erste Stelle packen. Der packt das schon. Wenn nicht, dann heißt es bis Baldrian. Ich kann hier runter. Will ich hier runter? Warte, wo würde mich der andere Weg hinführen? Zwar kann ich doch auch, wenn ich den Stein hier runterschiebe, noch nach rechts gehen. Ich glaube, das andere schien mir der richtige Weg zu sein. Ja, ja, Schutz wirkt nicht mehr. Ich verstehe. Äh. Wir müssen erst mal den Stein loswerden. Na, den. Dann machen wir den Zertrümmerer. Und werden den Stein hier ebenfalls los. Aber wir haben wieder so eine Fahrradstelle. Okay. Psst. Für ein Macho-Band. Ich mag es, dass sie diese Fahrradstellen eingebaut haben in der Siegestraße. Ich habe nicht das Gefühl, dass die passen, aber warum nicht? Oh, zwei gegen zwei. Ich beabsichtige meine Technik im Doppelkampf zu perfektionieren. Das wird mich auch insgesamt zu einem besseren Trainer machen. Ich möchte meine Doppeltechnik so gut wie möglich verbessern. Das macht auch Michals Trainer viel stärker. Ich meine, das kann gut sein. Zwei Pokwone haben sie. Uhhh. Level 50. Okay. Folgender Plan. Ladestrahl auf Kajoga. Und du mach Hercule Fußstrahl auf Kajoga. Wir müssen auf jeden Fall... Oh, gute Arbeit, Baldrian. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Die Spezialverteidung ist so schlecht. Okay. Bis Baldrian. Ah, Gott. Ich weiß mal, es war abzusehen, dass es mit der Spezialverteidung irgendwann... Oh. Gott. Ich dachte ja, dass Sitzbank vielleicht schneller sein könnte. Zum einen und zum anderen. Ich dachte nie, dass Pantimus tatsächlich angreifen wird. Das war nicht gut, aber... Fahrer weiß, was man sagen. Viele Dinge in diesem Kampf sind gerade nicht gut. Schauen. Yes. Was machst du da? Okay, du kopierst die Panzerhaut von der Sitzbank. Dunkle Klaue. Okay, wir sind Pantimus losgeworden. Baldrian hätte nicht mehr lange durchhalten müssen. Ich hätte es nicht an die erste Stelle packen sollen. Da wiederum wären die Maispokbarn an der ersten Stelle schlecht gewesen gegen Kajoga, aber... Ach Gott. Was kann jetzt auch Eis strahlen? Ich meine, es hätte auch kein Wasserangriff überlebt, aber dennoch. Ich bin nicht begeistert, okay? Oh, Surfer ist nicht gut. Machen wir Lake. Der Surfer wäre keine gute Idee. Denn er würde auch Zwirri treffen. Dunkle Klaue. Der Dunkle Klaue macht ordentlichen Schaden. Dann nochmal Dunkle Klaue auf Kajoga und du mache Lake. Komm schon nochmal. Wuh. Das erleichtert unser Leben ganz ungemein, dass dieses Kajoga absolut nichts macht. Und wir haben Pokémon verloren, das ist nicht gut. Aber wir haben das Pokémon verloren, bei dem wir alle damit gerechnet haben, dass ich es früher oder später verlieren werde. Also, er... Ich würde nicht sagen, dass ich schockiert und überrascht bin. Ich hatte Gedanken, dass ich schockiert wäre von dem, was geschehen ist, aber... Es war halt bisher auch noch nicht stark. Morgen Grauen ist irgendeine Heilung oder so, oder? TM46. Äh, Morgen Grauen. Füllt KP das an, wenn das auf die Menge hängt vom Wetter ab. Naja, ist ja ein Ding. Gut, dann... Äh... Gehen wir weiter. Ach, komm, schauen. Nein, nicht... Es war mir egal. Wir müssen zurück. Dieser Raum war nicht gut. Aber ich meine, es war ein 2 gegen 2-Kampf gegen... Mit dem Kajoga. Das hätte noch so viel schlechter laufen können. Wir müssen halt auch mal akzeptieren, dass das tatsächlich gemessen hat, was... Wer der Gegner war. Lief das gut. Ich meine, ich habe einen Pokémon verloren. Ja, aber... Aber dieses Kajoga. Ich weiß nicht, was es sonst noch alles gekonnt hätte, aber es konnte nicht angreifen. Weil es die ganze Zeit über verwirrt war. Und sich vor Verwirrung selbst verletzt hat. Das war halt an dem Punkt glücklich. Okay, Karate-Meister. Pachirizo. Absoluter Albtraum. Gegen diesen Monster zu kämpfen. Erdbeben! Oh nein, der Bitterkuss. Lass dich nicht davon einbittern. Bleib stramm, Max. Bleib stramm. Das ist nicht stramm von dir. Pachirizo dagegen ist ein echter Superzahn. Okay, Stram Max lässt sich nicht von Pachirizo besiegen. Oh mein Gott. Pachirizo hat Stram Max besiegt. Also nicht ganz, aber es hat Stram Max in die Knie gezwungen. Ein dummes Pachirizo. Hör auf Superzahn zu machen. Gott, ich hasse Superzahn. Es halbiert einfach die KP. Dieses Pachirizo sollte keinen Angriff haben, der so eine Stärke wie Superzahn hat. Aber es wird diese Erdbeben sowas von nicht überleben. Bei Pachirizo bin ich mir übrigens auch immer unsicher, ob es Generation 4 oder 5 ist. Aber ich meine, ich kann mir an sich merken, dass Emolga Generation 5 ist, aber bei Pachirizo bin ich mir echt immer unsicher. Ich weiß auch nicht. Aber bei mir fängt es gerade stark an zu regnen. Der Wetterbericht meint ja auch, dass es in Bayern schneien soll, die Tage. Das heißt, ich freue mich auf abenteuerliches Wetter. Heute habe ich auch, ich bin auch dabei, relativ viel Pokémon aufzunehmen. Und ich dachte mir schon, dass ich den ganzen Tag verdächtig starke Kopfschmerzen habe. Wo auch die gute Ibo, wie er jedes Mal nichts gebracht hat. Und ja, das erklärt einiges, wenn es jetzt anfängt. Es war zu komisch sonnig bewölkt. Und jetzt regnet es und spät wird es wahrscheinlich schneien. Das ist für Leute, die bei Wetterumschwung dazu einen Kopfschmerz zu bekommen. Nicht sicher, ob das auf alle zutrifft. Vielleicht denke ich auch auf so eine Sache wie alle Dinge im Leben, die bei manchen Leuten stärker sind und bei manchen schwächer. Und dementsprechend ist es bei mir ziemlich stark und das ist super unangenehm. Und ich kann mir wenigstens sicher sein, woran das Ganze lag. Außerdem, ich weiß nicht, ob Pion Draghi oder Skuntank vom Typ Gift und Unlicht sind. Sonst hätte ich Psychokinese eingesetzt. Aber eins von beiden war, glaube ich, Gift und Unlicht. Aber ich kann mir nicht merken, welches. Gengar? Oh, oh. Bleiben mich nicht aus. Psychokinese. Ja, Spukball sollte nicht so übel sein. Ist nur ein 60er Angriff. Ich meine, es ist kein optimaler Angriff, weil es immer noch Gengar ist. Und Gengar ist wirklich stark. Aber es wäre problematischer, wenn es einen tatsächlich starken Angriff eingesetzt hätte. Dafür gibt es auch echt wenige Erfahrungspunkte. Und ein Illumisee. Darum mache ich mir auch nicht so viele Sorgen. Und lebt, überlebst du das? Es überlebt. Was für ein Biest. Und da ist das Käfergebrumm. Käfergebrumm macht mehr Schein, als ich mir wünschen würde. Ich wollte eigentlich nur, ähm, 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 Metallklaue einsetzen. Um den Kampf zu Ende zu bringen. Aber es schien mir doch gerade ein bisschen zu riskant zu sein. Deine Vergangenheit. Aber vergiss auch nicht meine Gegenwart und Zukunft. Zumindest wir kämpfen mal ein bisschen mit Zweri an dem Punkt. Sicher, es ist höher gelevelt, als die anderen. Aber Zweri braucht zum einen EVs. Und zum anderen habe ich vor, meine Pokémon auf Level 53 zu leveln, bevor wir die Top 4 betreten. Was gibt es hier sonst noch alles? War ein wildes Pokémon? Ein Level 50 Kikugi. Ihr dachtet, ihr hättet alles gesehen. Ich hätte eigentlich dagegen kämpfen können. Da wir, wie gesagt, noch die Faust brauchen. Aber, hey. Level 50. Oh, 2 gegen 2. Puh, das ist, äh, gefährlich. Das ist gefährlich. Ich denke, strammer Max und, äh, Zweri sollten ein strammes Team abgeben. Ein Ass-Doppel. Wir werden dich überwältigen. Wir bilden ein Team, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Was willst du dem entgegensetzen? Was hast du dem entgegenzusetzen? Ich weiß es nicht. Oh. Schön. Der ist auch schon unser Feind. Das Tornupto. Ähm. Ich kann nicht gut, äh, ich kann nicht gut ein Gewissens, äh, Strammer Max drin lassen. Denn ich weiß, dass das Tornupto, äh, Flammensturm und Flammenwurf hat. Und da ist auch schon der Flammenwurf. Pünktlich aufs Wort. Aber ernsthaft, wir haben eine zu hohe Tornupto-Dichte. Es war, mein Mann denkt immer, ja gut, es war halt nur Zufall, keine Ahnung, kam uns nur so vor, aber... Es wurden halt inzwischen noch so viel mehr. Schon seit ich angemerkt habe, dass so viel Tornupto kommen, kommen immer nur weitere. Und aber bei irgendeinem Punkt ist es kein Zufall mehr. Hm, Finsterfaust und du mach einfach nur Lake auf, der Tornupto. Walzer! Ist Tornupto lernt also noch neue Angriffe. Da muss man aufpassen. Das hat sogar die Lake überlebt. Hm, wenn das die einzigen zwei Pokémon sind, die die beiden einsetzen, muss ich sagen. Ich habe nichts gegen Grimasse. Wenn jetzt aber noch zwei weitere Pokémon kommen, ist das nicht gut. In dem 2-gegen-2-Kampf will man nicht von Grimasse betroffen sein mit beiden Pokémon. Ich glaube, es kommt noch eins, oder? Nein, es kommt keins mehr, okay. Okay, dann können wir den Kampf ganz geschmeidig zu Ende bringen. Ach, komm schon. Zwiri ist paralysiert. Dunkelklaue. Die macht guten Schaden. Und Eisstrahl. Ich meine, natürlich, es ist paralysiert. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gesagt, es ist paralysiert. Dann dachte ich mir, aber Moment, es hat doch gerade Angriff. Aber es ist paralysiert, das heißt ja nicht, dass es nicht angreifen kann. 12.000 Poké-Dollar. Also, ich habe das Gefühl, Inflation ist ziemlich stark in diesem Spiel. In den Spielen damals hätte man nicht so viel Geld bekommen. Da muss man noch arbeiten, um seine ersten 100.000 zusammen zu bekommen. Und hier, das hätte ich schon alleine in den letzten vier Kämpfen oder so bekommen. Äh, wir surfen mal nach links. Ich weiß gerade nicht ganz, wo ich hin will. Wir haben mehrere Wege oft, aber... Oh, jetzt gehe ich ja nach oben. Okay. Nugget. Köstlich. Dann können wir den Weg soweit abhaken. Denn den haben wir abgeschlossen. Und oh mein Gott, meine Kopfschmerzen. Ah, ich will die Siegelstraße noch machen. Versteht ihr? In der nächsten Siegelstraße-Folge, kann ich nicht anfangen und dann sagen, uh, nein. Generell, uh, nein, sagen ist die, äh, eine gute Idee. Finster Faust! Überlebt Kikugi das überhaupt? Ich meine, es ist ein Kikugi. Es ist überlebt. Sorgensamen. Bekommt man durch Sorgensamen immer die Fähigkeit Insomnia? Ist das eine Sache? Wenn ja, wofür ist das gut? Hm, wie auch immer. Ich meine, könnte man da nicht einfach eine, äh, Fähigkeit bekommen, die schlecht ist oder so? Feuertafel. Oder eine, die einem wirklich schadet. Nicht einschlafen zu können, ist jetzt für die meisten Pokémon eher ziemlich gut. Siegelstraße. Es scheint, als wäre ich am Ziel meiner Reise angekommen. Aber vor der Niederschrift des letzten Kapitels muss ich dich erst besiegen. Ich hasse es vor der Niederschrift des letzten Kapitels noch besiegt zu werden. Sonnenflora. Das sehen wir auch unerwartet oft. Dunkelklaue. Oh ja, ich sollte mal nachschauen, ob Zwirklop noch irgendwelche Angriffe lernt. Fühlt mir gerade auf. Oh oh. Wenn es noch eine Runde überlebt, dann wird es selber einen Solarstrahl einsetzen. Oh oh. Das wäre ja echt unschön. Gute Neuigkeiten. Kein Solarstrahl. Level 51 für Zwirri. Gegenstoß. Kann, äh, kann anwenden, diese Attacke nach einer Attacke eines gegen den Spurkmann ausführen. Wird die Kraft verdoppelt. Ja, das ist willig. Hm, hm. Denn, äh, die Kraft sollte immer verdoppelt werden dadurch, denn... Zwirri ist eher ein relativ langsames Pokémon. So, was probieren wir das Ganze mal aus. Oh. Natürlich. Was habe ich überhaupt anderes erwartet? Knochenhatz. Knochenhatz ist so ein cooler Angriff. Er kann irgendwie nur, äh, Knoche, äh, Knoche und Tragosto lernen, oder? Dunkle Klaue. Ich meine, da gibt es Sinn, wenn sie es nur lernen können. Au. Au. Zweimal. Das ist die Versagermenge an Treffern. Ich bin übrigens sehr froh, dass wir Dunkle Klaue als TM noch da hatten. Sonst hätte es für Zwirri auch etwas kritisch werden können. So hatte ich mir das letzte Kapitel aber nicht vorgestellt. Ah, wir brauchen den Hyper-Tank für Zwirri und dann... Zwirri hat schon direkt Level-Up mitgenommen. Können ja nicht direkt wieder zurückziehen. Denn, äh, ich kann, ich kann Zwirri nicht einfach, äh, überleveln hier. So, Wasser ist tiefblau. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet ist, dass meine AP wahrscheinlich von den meisten Angriffen von Pokémon langsam weniger werden sollten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, was ist mit diesen dummen Pokémon hier? Das größte Problem ist, für Zubat kann ich wahrscheinlich nicht mal fliehen, weil es schneller ist als ich. Nein, es ist nicht schneller als ich. Okay. Ich meine, es ist Zubat. Wahrscheinlich hat es generell auf Level 50 keine so hohen Stats. Ja, die 385 Erfahrungspunkte sprechen auch ja dafür. So. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann es mir nicht leisten, gegen noch mehr wilde Pokémon zu kämpfen. Ich muss aber sagen, Zappelfil ist schneller als ich dachte. Ich nehme zähe Pokémon in meine Output und mache sie dann noch zäher. Damit kannst du mir helfen. Ich meine, indem ich sie immer weiter angreife, bis sie unbesiegbar sind. Oh, er hat ein Lapras. Ich denke, Strammer Max ist der richtige Gegner für diese Situation. Zappelfil hat dann doch eine leichte Wasserschwäche. Bodyguard. Das ist also... Aus irgendeinem Paralleluniversum könnte das unser Pokémon sein. Schauen wir uns an, wie unser Leben in diesem Paralleluniversum verlaufen wäre. Ich habe das Gefühl, wir wären nicht allzu weit gekommen. Mit dem Bodyguard Lapras. Oh mein Gott. Abgesang. Oh oh. Noch drei Runden. Metallklaue. Ich würde sagen, drei Runden mehr, als du überleben wirst. Und ein Smog Mog. Hat Smog Mog Schwebe? Spielt keine Rolle. Machen wir Psychokinese. Und ja, dann ziehe ich Strammer Max zurück. Falls der Smog Mog überlebt. Und es überlebt nicht. Level 47. Huh. Die Jungs sind hochgelevelt an dem Punkt. Ich hatte nicht die geringste Chance. Das ist halt wahr. Du hast gesagt, die Pokémon sind C, aber die waren gar nicht C. Die waren überhaupt nicht C. Waren wir ein D. Bitte, bitte. Lass mich mal eben hier runtergehen. Oh, wenn ich die Kaskade runtergehe, kann ich... Oh, nein, da will ich nicht hin. Können wir noch ein Item da drüben mitnehmen? Ich meine... Es spricht nichts dagegen, das Item mitzunehmen, schätze ich. Ich denke nicht, dass es hilfreich sein wird, aber es könnte ein TM sein. Manchmal vielleicht sogar eine gute TM. Und dann vielleicht sogar eine gute TM, die uns was bringt. An dem Punkt müssen aber sehr viele Faktoren, äh, zutreffen. Yeah, okay. Yeah, mhm. Ja, ja, das, äh... Es ist ein spaßiger Angriff, ohne Frage. Es ist auch ein guter Angriff. Nein. Nein, es ist kein guter Angriff. Ich würde fast sagen, es ist ein fürchterlicher Angriff. Aber gut, hauen wir ab von hier. Ich glaube, wir sollten langsam auch am Ende der Siegestraße sein, oder? Alter Mann, der kämpfen will. Hier ist ein Item. Der Expertengurt erneut. Oh. Ich schätze, ich werde gegen den alten Mann kämpfen. Ich kann nicht spüren, dass dir deinem Pokémon voll vertrauen. Du, deinem Pokémon scheint fast, als ob ihr erglüht. Ich glühe vor Verlangen für diesen Kampf. Ein Staraptor. Ein Staraptor kann Nahkampf. Aber... Ich vertraue dem guten Zappelfill. Dass er die Situation unter Kontrolle bringt mit einem eiskalten Eiszahn. Auch wenn er natürlich von Bedroher erwischt wurde. Sehr gut, der alte Zappelfill. Immer alles unter Kontrolle. Er lässt die Kontrolle nicht an jemand anderen übergehen. Ich muss sagen, generell in dieser Nassauk Challenge habe ich ja wahrscheinlich so viele Pokémon eingefroren, wie noch nie zuvor in irgendeinem Run. Dadurch, dass wir immer Pokémon hatten, die irgendwie... Oh, das ist jetzt nicht gut. Die irgendwie einfrieren können. Ich kann halt... Mit halbierten Angriff zu kämpfen, ist dann doch ein bisschen... Das ist dann doch ein bisschen zu blöd. Agilität. Hervorragend. Denn dieser Angriff ist absolut bedeutungslos in diesem Kampf. Nahkampf. Da ist er schon. Das ist halt mehr Aussitzbank, oder? Das ist ein Staraptor. Sein Nahkampf kann doch nicht so stark sein. Sein Nahkampf ist sehr stark. Aber die Verteidigung und Spezialverteidigung sinken. Das bedeutet, reicht das für einen One-Shot? Komm schon, sein guter Eisstrahl. Oh, Volltreffer. Was für ein Eisstrahl. Okay. 84 KP wieder. Und ein Ledian. Ihr werdet eurem dummen Ledian immer. Eisstrahl. Ich weiß nicht, ob ich mir bei Ledian überhaupt Sorgen machen muss. Sollte halt echt nicht stark sein. Und ich glaube, ich lag ziemlich richtig mit dieser Annahme. Ah, die beiden Staraptor waren gefährlich. Muss man fairerweise sagen. Dieses Ledian dagegen. Es fügt mir ein bisschen mehr Schaden zu, als ich mit Überresten aufheilen kann. Aber auch nicht viel mehr. Wirklich nur ein kleines bisschen. Und das war Ledian. Puh. Okay. Das hat mir die Augen geöffnet. Und mir erst. Ah, ein bisschen Heilung. So, jetzt werden dann auch langsam wirklich die AP... Ich meine, das sage ich jetzt schon seit Ewigkeiten. Aber die AP sind knapp. Und Sitzbank hat gleich die 200 KP geknackt. Mein Gott. Ah, hier kann ich auf jeden Fall direkt zurückgehen, falls ich das möchte. Was ich nicht will. Denn ich bin nicht bereit aufzugeben. Ich glaube, wenn ich den anderen Weg gehe, komme ich zu dem Fertsack da drüben. Und der obere Weg wird wahrscheinlich der richtige gewesen sein. Warte, hier geht es nach links. Warte, was? Es gibt so viele Wege. Das ist jetzt ein ziemlich kompliziertes Rätsel. Aber gut. Das, äh, dieser Weg wäre damit abgeschlossen. Komet Dieb! Wir haben lange darauf gewartet. Also ist Komet Dieb überhaupt das, was ich denke, was es ist? Oh nein, das ist überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Ich suche schon den Sternenheb. Hm. Komet Dieb und Sternenheb darf man natürlich nicht miteinander verwechseln. Und das sind grundlegend verschiedene Angriffe. Dann lass mich doch mal eben hier hochgehen und nach rechts rüber. Lass der mich da rein? Oh, nein. Hm. Was ist, was ist da drüben eigentlich? Hey. Was ist da hinter dir? Lass mich dich mal ansehen. Du sollst dir auf jeden Fall die Pokémon-Liga als Ziel setzen. Äh, konzentrier deine Energie auf dieses Ziel. Hm. Verdächtig. Äußerst verdächtig. Wahrscheinlich ist da irgendwie lehnt, der das Pokémon drin oder so, wenn ich raten müsste. Ich habe ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung. Okay. Ass-Trainer. Dies ist ein Ort, da nehmen Sie starke Trainer naturgemäß versammeln. Es ist ja ein idealer Trainingsort. Na, dann schauen wir doch mal. Drei Pokémon. Wir beginnen mit Jirachi. Gute Neuigkeiten. Wie auch schon der letzte Tiff, der seinen Jirachi losgeschickt hat, wirst du es mit deinem Zappelfeld zu tun bekommen, der die Erde zappeln und wackeln lässt? Und er sollte dein Jirachi mit ziemlicher Sicherheit direkt ausschalten. Oh, das ist besiegt. Als nächstes ein Flunk-Kiefer. Ich sehe schon, ein echter Stahl-Pokon und Fanatiker. Ist das Bedroher? Nein, es ist nicht mal, es ist nicht mal das Bedroher-Flunk-Kiefer. Es wird nicht mal fast den Angriff überstehen. Ja, die DKP sinken sehr schnell. So weit, so gut. Und so gut da... No, no Jirachi. Aktuell habe ich das Gefühl, dass irgendwie... Wahrscheinlich ist irgendwie der Seed von dem Randomizer ein bisschen kaputt gegangen, weil irgendwie scheinen aktuell alle Trainer die gleichen Pokémon mehrfach zu haben. Nein. Sehr Zufall, aber dennoch. Und das war, äh, Level 45 Jirachi. Wir haben eine Menge Jirachi besiegt heute. Hier kann ich mit Trainer wie dir kämpfen, deshalb mag ich diesen Ort. Cool. Schutz wirkt nicht mehr. Oh nein, ich glaube da vorne könnte das Ende der Siegesstraße sein. Und ich glaube, dann erwartet uns ein ganz gewisser Kampf gegen einen ganz gewissen Rivalen. Ich habe den Jochen gerochen. Wer versteht, was ich meine. Oh. Warte, kein Kampf gegen ihn? Pokémon-Liga. Puh, okay. Siegesstraße ist überstanden. Wir haben leider den Pokémon verloren. Kurz bevor es nützlich wurde, aber das ist manchmal das Leben. Und jetzt lass mich hier mal eben reingehen. Oh, das ist riesig hier. Klar, das PC-Pokémon ablegen. Es tut mir leid, Baldrian. Ballkapsel. Die Baldrian-Kapsel sollte man natürlich nicht vergessen. Jedes Mal aufs Neue. Entfernen. Ich würde gerne irgendwelche sentimentalen Worte von mir geben, aber... Wir haben echt nicht viel erlebt mit Baldrian. Wir haben nicht viel mit ihm erlebt. Und das, was wir mit ihm erlebt haben, war nie wirklich hilfreich. Wen hätte ich noch gerne im Team? Ich weiß es nicht. Eigentlich niemand so wirklich. Man kann Stalus vielleicht was Gutes lernen. In dieser Generation. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich einfach irgendjemand reinpacken, der ein paar Hits tankt, damit ich ihn vielleicht einwechseln kann. Damit er... Damit er ein paar Hits tankt, damit ich heilen kann. Stalus lernt Eisenschweif auf Level 38. Und das war es halt auch soweit. Sende ich mal Erdbeben. Es lernt einen einzigen Bodenangriff und das ist der Lehm-Sula. Und es hat Eisenschweif nicht mal gelernt. Aber wir werden Stalus trotzdem ins Team nehmen. Warum? Damit es Damage tanken kann. Damit wir sie irgendwann einwechseln, damit ich was auffallen kann. Puh. Und dann würde ich sagen... Ähm... Es ist nicht optimal, dass ich jetzt nur vier Pokémon habe. Aber wisst ihr was? Ich habe vollstes Vertrauen in diese vier Pokémon. Ich werde sie auf Level 53 trainieren. Und dann, beim nächsten Mal... Stellen wir uns den Top 4. Ja... 38 Stunden. Mein Gott! Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche mir Glück. Und bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzelock Challenge. Ich habe meine Pokémon soweit trainiert. Ah, ich habe Level 53 angestrebt, logischerweise. Und... Ähm... Lass mich doch schauen, ob ich vielleicht was kaufen könnte, dass mir weiterhilft. Ich will nicht. Ich will nicht los. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich gestehen. Ähm... Ich meine, es sollte okay laufen mit Glück. Ich weiß es nicht. Ich will nicht. Steht ihr? Oh, die verkaufen mir alle Bälle. Das wäre ziemlich cool, wenn ich noch einen Pokémon fangen wollen würde, was ich aber nicht will. Äh... Gab es angriffstechnisch irgendwas, das sich geändert hat? Ich glaube nicht wirklich. Und das ist übrigens unser Team. Wir haben Zwirri des Zwirffins mit seiner Spuktafel, wo ich, ähm, neben Flori gehen die ganzen Level 10 Pokémon, äh, für die zwei Level abgekämpft habe, damit es noch ein paar EVs abstaubt. Ich denke, es bräuchte insgesamt noch mehr, aber... Sollte passen. Sollte passen. Dann natürlich Boah, damit es für den Fall der Fälle ein paar Hits abfangen kann. Der stramme Max. Äh, absolut starke Unit. Oh ja, er hat den Sternenhieb endlich gelernt auf Level 53. Welcher auch bitter nötig war. Es wurde höchste Zeit. Und Liebe wird nicht wirklich mitkämpfen. Zappel Phil. Mächtiges Mammute. Und natürlich Sitzbank. Unser Starter-Pokémon. Und ich würde mal sagen, wenn das kein Team ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hätte natürlich gerne noch mehrere stärkere Pokémon, aber ich will jetzt auch keine von den beiden Linken, die ich habe, ins Team nehmen, weil die halt wirklich... Sind halt zu stark. Ich habe das Gefühl, das nimmt sehr viel von der Spannung raus, weil man mit denen halt essentiell kaum verlieren kann. Oh ja. Oh oh. Äh, hi. Halt, geh nicht unter mich. Du willst doch nicht in die Pokémon-Liga, stimmt's? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns besser vorbereitet ist. Kämpfen wir. Oh oh. Oh oh. Okay, wir haben mal so einen Bonus-Kampf. Wie mir sche... Sechs Pokémon, Lazy Jochen. In meinem Fahrt-Wiegel ist kein Pokémon, mit dem man den Kampf anfangen will. Oh, ich habe Zwirri gerade als erstes Pokémon. Aber Zwirr ist okay. Wir machen Ehrlicht. Damit Zwirri... Äh, damit das Fahrt-Wiegel direkt brennt. Und dann... Der andere Angriff. Äh, Gegenstoß. Ja. Und da ist der Verzweifler. Okay, Fahrt-Wiegel. Ich habe das Gefühl, es wäre vorteil für dich gewesen, wenn du eine andere Fettes bekommen können. Aber so erleichtert die ganze Situation mein Leben ungemein. Und das war... Fahrt-Wiegel. Okay. Visa-Flor. Das ist ein mächtiger Kandidat. Fangen wir jetzt mit der Dunkelklaue an. Sorgensame. Ich bekomme wieder Insomnia. Ja. Sorgensame scheint wirklich einfach nur immer Insomnia zu geben. Wie viel Schaden macht die Dunkelklaue? Oh! Oh mein Gott! Das ist ein Volltreffer, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist viel zu guter Schade. Das muss ein Volltreffer sein. Glättertanz. Sollte nichts effektiv sein, richtig? Neutral. Oh mein Gott! Ich denke, damit steht es an der Volltrefferfront unentschieden, Visa-Flor. Mewtwo wäre halt ein hervorragendes Pokémon als Gegner für Zwirid. Mal schauen, wie wir... Was es machen wird. Vielleicht macht es einen dummen Angriff. Vielleicht kann es nicht mal richtiger Angriff auf Level 47. Denn wenn dem der Fall ist, dann werden wir das Mewtwo sehr einfach ausschalten können. Ja, es macht Weißnebel. Fairweise muss man sein, dass ich jetzt aktuell für Jochen etwas sehr overleveled bin. Aber das ist ungefähr das Level, welches wir brauchen, wenn wir bei den Top 4 gewinnen wollen. Das stärkste Pokémon von dem Champ wird nämlich auf Level 59 sein. Das heißt, wenn ich dann mit Level 50 anfangen würde, wäre das nicht gut. Ey, ich weiß auch so, das stärkste Pokémon ist auf Level 59 und ich denke nicht, dass irgendein Pokémon höher als Level 55 aufsteigen wird während dem Top 4. Ja, ist ja Zwirid vielleicht, zieht es schon relativ hoch. Aber ja, ich traue dem ganz nicht. Deswegen dachte ich mir, ein bisschen Vorbereitung kann nicht schaden. Wenn ich gewusst hätte, dass wir noch gegen Jochen kämpfen müssen, hätte ich natürlich... Das ist noch vorhin gemacht, aber eh. Ein Ramaydon. Hm, wisst ihr was? Gegen Ramaydon wechseln wir zum strammen Max. Denn Ramaydon hat quasi keine physische Verteidigung und sollte sowieso Zen-Kopfstoß. Ja, der ist denkbar unnütz. Oh nein, der Seher. Pass auf dich auf, strammer Max. Ah, machen wir direkt in den ersten Sternenhieb. Na, keine so coole Animation. Generell habe ich das Gefühl, die Angriffe hatten in der Zone drei coolere Animationen, aber... Alles okay. Ihr dürftet trotzdem mögen. Ich erlaube es euch ausnahmsweise mal. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Noch zwei Pokémon. Lumineon. Oh nein, und dann kommt noch so ein peinliches Starter-Pokémon. Oh nein. Ich habe mich gerade wieder erinnert, was Jochens Starter ist. Uh, er hat ja noch ein Mast geregen. Uh, das ist bitter. Das ist sehr, 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 sehr bitter. Das ist ein Lumineon, da ist jetzt aber gerade eine Menge Widerstand. Muss man fairerweise sagen. Erdbeben. Aber ja, ich würde sagen, das Team ist soweit. Relativ akzeptabel dabei. Damit könnten wir eventuell uns okay schlagen können. Ich will keine zu großen Worte im Mund nehmen und sagen, damit könnten wir es schaffen oder so. Weil es kann... Es kann einfach so viel schief gehen. Es kann alles schief gehen. Du hast zu diesem letzten Pokémon dein vollstes Vertrauen. Okay. Und zeig doch mal, wie stark dein letztes Pokémon ist, Jochen. Zu dem du dein vollstes Vertrauen hast. Ich habe das Gefühl, das ist leider nicht wirklich aus... Nein, nein, das ist... Das ist traurig. Das ist traurig. Was ist da gerade passiert? Mein Team muss noch besser trainiert werden. Fragezeichen, Ausrufzeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich bin für die Pokémon-Liga wohl noch nicht bereit. Das würde ich ja nicht gegen dich verlieren. Verflixt doch eins. Pass nur auf, sage ich dir. Ich werde stärker und schlage mich bis zur Pokémon-Liga durch. Ich werde nämlich der Champ, der härteste Trainer schlechthin. MP Männlich. Du hast du ungeschlagen, bleibst, bevor ich dich dann schlage. Das ist doch auch mein Plan. Okay, dann heilen wir nochmal. Und dann marschieren wir los zum ersten Trainer. Und sehen, was uns erwarten wird. Oh Gott. Und wir sehen, was uns erwarten wird. Das Gute ist halt, dass bei vielen Pokémon die Moves-Sätze in Generation 4 noch absolut katastrophal sind. Das heißt ja, das könnte uns irgendwann weiterhelfen. Ich würde mal jetzt mit Zappelfill anfangen. Prüf hier mal, ob du für die Pokémon-Liga qualifiziert bist. Also, zeig mal alle Arena-Orden, die du in Sinnoh gewonnen hast. Erzeligen Kohle-Orden. Ewiggenau-Wald-Orden. Herzhofen-Relikt-Orden. Schlei-Ede-Berg-Orden. Weideburg-Fenn-Orden. Vletburg-Mienen-Orden. Blizzach-Firn-Orden. Und Sonne-Wig-Licht-Orden. Er hat nichts bekommen. Das ist ein seltsamer Jingle gerade an dem Punkt. Ausgezeichnet. Trainer, du hast in der Tat die Orden aller Arenen von Sinnoh erhalten. Demonstriere mir die Macht, die dich so weit gebracht hat. Die Macht, die uns gebracht hat. Die uns weit gebracht hat. Oh Gott. Das ist ganz hübsch hier. Kann man hier durchlaufen? Yeah. Okay, kämpfen wir. Hallo, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herbaro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Sie können böse und hinterhältig sein. Sehen dabei aber sehr schön aus. Wolltest du wissen, warum ich Herausforderer hier empfange? Nun, ich will einfach genauso perfekt werden wie meine Käfer-Pokémon. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Okay, Bob. Dann fangen wir mal an. Auch wenn die Framerate ein bisschen gestorben ist. Champion Bob. Togekiss. Seht ihr, er ist direkt Level 49. Und das ist das erste Pokémon der Top 4. Dementsprechend, ey, wir sind nicht zu hoch gelabelt. Auch wenn es beim Kampf gegen Jochen jetzt erstmal so aussah. Und Togekiss ist auch ein starkes erstes Pokémon. Oh, der Zappel-Phil. Warte, es leuchtet. Das ist hervorragend. Das bedeutet, er kann nicht heilen. Ach ja. Klassisch. Oh, das war Togekiss. Wulnona. Ich sage, ich bin schneller und Erdbeben. Ich denke nicht, dass Wulnona dieses Erdbeben überstehen wird. Zappel-Phil ist stark. Er ist ein starkes... Sie. Zappel-Phil, sie ist ein sehr starkes Pokémon. Ich hätte über den Zappel-Phil werden, Junge. Ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. Togekiss. Erneut. Will das Ganze nochmal so laufen? Denn ich habe nichts dagegen, wenn ich hier nochmal ein paar mal Eiszahn einsetzen kann. Damit wir ein bisschen ein paar Erdbeben-AP sparen können. Es leuchtet ebenfalls. Ja, das ist... Das ist ein ziemlich unspektakulärer erster Trainer von den Top 4, muss ich sagen. Die Togekiss könnten bestimmt gefährlich sein. Ich bin mir sicher, wenn es einfach einen Luftschnitt gemacht hätte. Dann hätte ich Probleme bekommen. Aber so... Naja, das ist kein Problem. Sondama, ebenfalls Eiszahn. Der gute alte Eiszahn. Der erledigt den Job. Wobei, ich glaube, dass Sondama das überleben sollte. Denn Sondama sollte eine hohe Verteidigung haben. Relativ hoch. Zitrobeere. Uh, die hat eine Menge auch. Gyroball. Ja, das ist nicht gut, oder? Okay, es ist, äh... Ehrlich gesagt, belanglos. Aber ey, Sondama ist auch schon auf Level 53. Und es lebt noch. Was für ein Kämpfer. Und da ist noch ein Gyroball. Aber er wird ebenfalls nicht als viel Schaden machen. Wahrscheinlich wird er mit Bob jetzt eine Heilung einsetzen. Yep, da ist die Top-Genesung für Sondama. Ja, ist okay. Okay, dreimal Eiszahn und der Kampf ist gelaufen. Das ist Nummer 1. Wir können damit mit Sägesang direkt auch noch ein paar KP regenerieren. Oh, das war ein guter Treffer. Vielleicht reichen sogar schon zwei Eiszähne dafür aus. Und da ist der Zweite. Und ich glaube, das war es mit Sondama. Und... Oh, was für ein Treffer! Direkt den ersten Trainer bei Leingang. Das ist mein Zappelfill. Unaufhaltsam. Hat er nicht mal Level abbekommen. Und Radikal. Machen wir Erdbeben auf Radikal. Und ich denke, das soll es mit Radikal gewesen sein. Denn Radikal ist kein Puppen und welches für seine Stats in irgendeiner Hinsicht bekannt ist. Oh! Ich habe Radikal unterschätzt, wie mir scheint. Das ist der super Zahn, um meine KP zu halbieren. Der stärkste Angriff, den Radikal machen kann. Ist noch nicht vorbei. Ein Top-4-Mann aus der Liga. Gib dich einfach so auf. Das werden wir sehen. Ich meine, Tatsache, dass er schon vom Aufgeben spricht, ist... Spricht deutlich... Spricht Bänder. Auch wenn er natürlich sagt, in dem Kontext, dass er nicht aufgibt. Aber er hat trotzdem vom Aufgeben geredet. Und das war Nummer 1. Das war schnell. Ich werde nie in der Lage eingestehen. Aber eigentlich wolltest du sehen, wie stark Käfer-Pokémon sein können. Du hast nicht ein Käfer-Pokémon eingesetzt. Also, komm ja nicht auf die Tour. Ich habe mir den schönsten und gefürchtetsten Pokémon verloren. Wir haben verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trainingslager. Kriege ich denn keinen Applaus? Nein, wäre auch zu viel. Egal. Geh ruhig in den nächsten Raum. Drei Trainer warten doch auf dich. Sind alle stärker als ich. Okay. Dass das lief so viel besser, als ich gedacht hätte. Das war also gut. Wen lassen wir im nächsten Kampf antreten? Ich sage... Ist ja schon Zeit für einen stremmen Max. Na, wir lassen die gute alte Sitzbank in den nächsten Kampf erledigen. Oh, das Lied. Das ist ein Hit. Das ist mit dem Quorm-Hintergrund, der mich bisher mit Metroid Prime. Hallo. So, so, wen haben wir denn da? Bist du ja ein niedlicher Trainer, der aber Mupp zu haben scheint. Ha, ich heiße Theresa. Ich bevorzuge Boden-Pokémon. Zeig dieser alten Dame, was du alles gelernt hast. Okay. Jasmin. Dann zeige ich der alten Dame, was ich alles gelernt habe. Fangen wir also direkt mit Mewtwo an. Okay. Ich hoffe, dass Mewtwo, wie so oft, wieder mal sich dazu entscheidet. Einfach nur... Uh, es hat angefangen. Uh, es entscheidet sich nicht dazu. Wow. Es entscheidet sich nicht dazu, einfach Weißnebel einzusetzen. Oh, wie viel Schaden nimmt das? Kommt schon die Hälfte? Oh, das reicht nicht mal fast für die Hälfte. Das ist nicht gut. Gut, wir machen nochmal Surf und dann Lake. Da ist der Weißnebel. Auf dem Weißnebel von Mewtwo ist immer Verlass. Das kann sich das einfach nicht nehmen lassen, den Weißnebel einzusetzen. Okay. Jetzt noch eine Lake und wir haben es. Ah, Psychoklinge. Au. Ich glaube, Psychokinese würde mehr Schaden machen. Psychoklinge ist durchaus akzeptabel als Angriff. Vor allem wird sie aber Mewtwo jetzt nicht auffallen, weil es tot ist. Und das ist gut, denn Mewtwo hat Erzwinger und... Gegen einen einzigen zu kämpfen ist schon problematisch genug. Ich habe das Gefühl, wir werden generell noch gegen Trainer kämpfen, die Erzwinger haben werden. Oder Pokémon. Und darauf habe ich nicht wirklich Lust, muss ich ehrlich gestehen. Ein Kabutops. Ich meine, das kann ich auch wegsurfen. Hat Kabutops viel Angriff? Kabutops hat okay viel Angriff. Nicht unbedingt sehr viel, aber... Warum nicht wenig? Vielleicht ist es für die Hälfte? Solide Hälfte. Das heißt, wir können den zweiten Angriff dann direkt mit der Lake wieder machen. Ich sehe schon, die Gegner sind. Man merkt schon direkt, wenn sie vom Level her ein bisschen höher sind. Man fängt die ganze Sache an, kritischer zu werden. Den ersten Trainer konnten wir noch problemlos, dass ich vom Level her einfach höher war, äh... besiegen. Aber jetzt? Knapp. Vom Sitzbank hat super viel Schaden genommen. Oh. Das ist ja mal eine Überraschung. Hättet ihr denn damit gerechnet, Turnupto hier zu sehen? Also ich nicht. Ah, ich werde den Hyper-Tank einsetzen, denn ich vertraue der ganze Situation nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, dass wir einen Flammenwurf gut, äh... einstecken können, soweit. Risikoteckel? Okay. Oh mein Gott, warte, das war... Ich glaube, das wäre eine dumme Entscheidung gewesen, aber... er hat eine Menge Schaden gemacht. Ich glaube, dieser Risikoteckel war gar nicht mal so dumm gewählt. Äh... Surfer. Nochmal Risikoteckel. Ich sehe schon. Turnupto ist ein echter Risikoteckel-Fanatiker. Das macht auch echt viel Schaden damit. Aber wenn mal, dass der Surfer noch ein bisschen mehr Schaden macht... Komm schon. Komm schon. Nein! Doch. Citrobeere. Okay, Citrobeere bedeutet, dass es nicht direkt aufgeheilt werden sollte. Und das wäre gut. Da ist der Flammenwurf. Oh Gott, nein, es hat Großbrand. Oder wie auch immer das heißt. Oh nein, 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 oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Der wird ab 33% aktiviert und nicht erst im roten Bereich. Ich dachte mir immer, es wäre erst im roten Bereich. Oh mein Gott. Citrobeere. Citrobeere lebt. Garados. Das machen wir gegen Garados am besten. Sind alle nicht optimal. Was sagt deine Verteidigung, Zwiri? Ich denke, wir werden Zwiri rausschicken aufgrund seiner Verteidigung. Ah, wobei Garados kann wahrscheinlich Knirscher oder so. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ehrlicht. Oh mein Gott, mach Ehrlicht. Oh mein Gott, wir brauchen das Ehrlicht zu dringend. Nein. Ehrlicht. Hydropumpe geht daneben. Ehrlicht, du musst treffen. Regentanz. Das ist der Nassschweif so viel wert, das ist fünfmal. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn es jetzt noch ein viertes Mal daneben geht. Damit ist ein Angriff so weit halbiert. Wow, das ist hilfreich in der Situation. Ich hoffe einfach, dass Garados keinen Nassschweif hat. Das wäre sehr hilfreich. Dunkelklaue. Hör, hör, hör auf, Drachentanz. Die gute Sache ist, es scheint nichts anderes als Drachentanz zu machen. Schlechte Sache ist, hat bald seinen Angriff und seine Initiative ausgemaxt. Das ist ein bisschen schlecht, ob ihr es glaubt oder nicht. Verbrennung schadet. Komm schon noch einmal. Hydro-Pumpe sollten wir locker wegstecken können. Garados Spezialangriff ist ziemlich mies. Okay, es hat keinen Nassschweif, wie es aussieht. Das heißt, wir haben es besiegt. Ich sag's euch, wenn das Movesit nicht so random gewesen wäre, hätte das gefährlich werden können. Vor allem nachdem er ihr Licht einfach drei oder viermal daneben gegangen ist. Wie? Dieser dumme Angriff. Kann ja so oft daneben gehen. Na gut, damit sollten wir aber ganz geschmeidig fertig werden. Wir werden sogar noch ein bisschen gepowerboostert. Danke, Vipitis. Komm schon, Zweri. Schlag zu. Nein, nicht in dein Gesicht. Auf den Gegner. Weiß schon. Der Gegner. Also, ich raten mir, Vipitis wird jetzt die ganze Zeit über nur Angeber machen. Das wäre eine Sache, die mich nicht allzu sehr verwundern würde, ehrlich gesagt. Nachtheap. Oh oh. Macht das auch Schaden? Ah, okay. 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 Ich hab vergessen, dass das hier ein Volltreffer-Run ist. Äh, Moment. Das sind die Volltreffer-Top 4. Es landet einfach jeder die ganze Zeit nur Volltreffer. Machen wir einen Erdbeam an dem Punkt. Ich denke, mein größter Fehler war direkt, Vipitis komplett zu unterschätzen. Davon auszugehen, dass es nichts kann und nichts machen wird. Das wäre fast gefährlich geworden. Okay. Puh. Ich würde sagen, dieser Kampf war sehr viel knapper, als ich mir wünschen würde. Das war gerade mal Nummer 2. Aber sie muss dann doch irgendwie grinsen. Das ist etwas besonderes, Kindchen. Mir gefällt, wie Dota in den Pokémon bei diesem Sieg im Team gearbeitet haben. Das scheint eure Stärke zu sein. Ah, 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 ah. Ich glaube, ich hätte so schnell keiner auf. Das dachte ich auch, aber... Dann wurde ich fast aufgehalten. Oh, mein Gott. Schau euch an, wie Sitzbank und Zweri runtergeschwächt wurden. Oh, Gott. Vor allem hätten wir fast Sitzbank verloren. Gott, dieser Kampf. Äh... Na, ich werde wieder Sitzbank ganz vorne haben. Sitzbank ist halt... Gutes Pokémon, um mal in den Kampf zu starten. Und Stramomax ist ein gutes Pokémon, um da später rein zu wechseln. Oh, das ist feurig. Hey, Trainer. Ich konnte es schon kaum erwarten, bis du endlich hier auftauchst. Ich hörte, was du in Sonneweg mit Volkler gemacht hast. Du hast dein Feuer für Kämpfe wiederentfacht. Daher brenne ich vor Freude, dir endlich im Kampf zu begegnen. Wie du dir schon denken kannst, kämpfe ich mit Feuer-Pokémon. Zeige Ignas, wie heiß dein Kampfgeist in der Hitze dieses Gefechts ist. Okay, Forrest. Ich glaube, ich mag das Design von ihm so überhaupt nicht. Ja, er ist ja mit den Hosenträgern. Oh. Oh, natürlich. Das ist wieder typisch für dieses Spiel. Aber gut. Aber gut. Wir haben ein gutes Pokémon draußen, um gegen Tornupto zu kämpfen. Hoffen wir nur, dass wir nicht den Notbrand entfachen, wie auch immer die Fähigkeit heißt. Was? Großbrand? Notbrand? Ihr wisst, was ich meine. Okay, Sitzbank. Schnell dich an. Dann entweder wird ihr jetzt heilen, oder wir werden eine Menge Schaden abbekommen. Okay, er heilt. Das heißt, wir werden eine etwas andere Reihenfolge angehen. Wir machen erst Larker. Um Tornupto soweit größtenteils zu schwächen. Und dann machen wir den Surfer. Der wird dem Surfer anfangen und gibt ihm nur den Großbrand. Ich glaube, es war Großbrand. Wie auch immer, es macht seine Feuerangriffe viel stärker und das ist nicht gut für uns. Und da ist der Surfer. Und wieder mal wurde er ein Tornupto besiegt. Das ist Nummer 2 in diesen Top 4. Level 54 für Sitzbank. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Bidifass. Ich meine, gegen Bidifass wäre ich ein guter Zeitpunkt, um auf Stramma Max auszuwechseln. Dagegen sollte Bidifass nichts auf der Hand haben. Fluch. Wir werden also eher speziell angreifen. Nachdem du deine physischen Stats alle erhöht hast. Ah, Psychokinese. Wie viel Schaden macht das an Bidifass? Bidifass ist ein seltsames Pokémon, um es so spät anzutreffen. Ich meine, eventuell könnten wir es killen, aber ich sage, uns wird ein kleiner Hauch an Schaden fehlen, um es mit der Psychokinese direkt zu besiegen. Oder? Oh, es hat gereicht. Ich war mir so sicher, dass ein KP übrig bleibt. Und ein Smogmog. Ist das nicht ein passender Gegner? Level 53. Psychokinese. Das ist Trainer Nummer 3 für den Top 4. Okay, danach kommt die 4 und dann kommt der Chan. Ja, dieser Trainer läuft gerade wieder sehr viel besser als der von vorhin. Flunkiefer. Flunkiefer scheinen aktuell auch alle zu haben. Level 57. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das Level 57 Pokémon einfach nur ein random Flunkiefer ist, welches absolut nichts ausrichten kann. Ja. Das war ziemlich simpel. Und Level 54 für den strammen Max. Angriff plus 4. Und Slimer. Und das ist einfach, das ist perfekter Gegner für, äh, strammer Max. Ich hatte auch mal einen Slime-Mock. Ich dachte, es könnte super cool werden, aber dann ist es, äh, wurde es leider von dem Wal verschlungen. Und deswegen muss dieses Slime-Mock gehen. Er hat übrigens eine hohe Spezialverteidigung. So, eure Panzer erhöht die physische Verteidigung. Die Situation spitzt sich zu. Ich bin gespannt wie ein Flinzebogen. Ich auch. Das Beste ist, dass das Slime auch absolut nichts gegen Metacross machen kann. Wobei, es hat vielleicht in einen Bodenangriff oder so, aber ansonsten nichts. Okay. Ich glaube, das glaube ich nicht. Ich habe verloren. Unterschätzt habe ich dich nicht. Aber ich habe auch nicht, äh, ich habe auch nicht geglaubt, dass du gewinnen kannst. Es ist mir niemals in den Sinn gekommen. Es hat mich wirklich um. Du und deine Pokémon sind schon eine Nummer. Wir sind die Nummer 1. Uff. Ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Das ist ein Schicksal, das man nicht mal seinem schlimmsten Feind wünscht. So, ich werde auf jeden Fall, ähm, ich werde noch ein bisschen mein Bestes geben, um Zappelfill etwas, äh, die AP zu schonen. Denn ich möchte den Kampf gegen den Champion Zappelfill beginnen. Fürs Protokoll, falls ihr euch darüber wundert. Okay, Nummer 4. Oh, das, äh, schick hier drin, schätze ich. Gutes Timing, ich habe gerade ein Buch beendet. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucian. Ich bevorzuge Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin ganz angetan von dir. Dass du es so weit geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste der Top 4. Siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde gegen dich also Vollgas geben müssen. Scott. Schicke Brille. Siehst du aus den 90ern? Oh, das ist ein gesegneter Anfang. Gegen Farbbiegel. Welches absolut nichts machen können wird. Und der nachahmer schlug fehl. Das bedeutet, äh, Farbbiegel, er hat keinen Angriff zur Verfügung. Ich komme mir ein bisschen gemein vor, ehrlich gesagt. Gegen einen Popon zu kämpfen, das nur Verzweifler hat, aber... Was soll ich machen? Vor allem, wir sehen, wie viel Rückstoßschaden es gerade genommen hat. Naja, das war wohl Farbige. Latias. Gefährlich. Aber ich habe zufälligerweise gerade ein Geist-Pokémon draußen. Sein Kopfstoß. Wie viel Schaden macht sein Kopfstoß von Latias? Schreck zurück. Schreck doch nicht zurück! Oh Gott, wenn du jetzt nochmal zurückschreckst, dann haben wir ein Problem. Oh, natürlich Volltreffer. Aber wir haben den Volltreffer überlebt irgendwie. Wir bekommen aktuell zu viele Volltreffer ab. Eindeutig zu viele. Wenn du deinen Latias jetzt auch heilen willst, hätte ich übrigens nichts dagegen. Puh, da ist unsere Zwirri-Heilung. Ich möchte übrigens anmerken, dass es jetzt schon das dritte Mal in den Top 4 ist, dass wir ganz knapp am Tod vorbeischrammen. Nein, Latias macht weiter einen Zen-Kopfstoß. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen die Finsterfaust. Spambleiben nur in einen Angriff und ich kann nicht viel dagegen tun. Aber da ist die Finsterfaust. Und das war Latias. Das hatte in der Tat einen mächtigen Zen-Kopfstoß. Level 55 Zwirri. Lucario. Okay. Äh, gegen Lucario wäre Zwirri wahrscheinlich keine schlechte Wahl. Äh, das hat nichts, was Lucario Schaden macht. Aber ich denke, der Schramme mag es ganz eindeutig die richtige Entsch... Nein, Moment, das ist ein Kampf-Pokemon. Ich bin auch vom Typ Psycho. Das heißt, die Kampfhandgriffe sollten nicht so stark sein. Warum kannst du Drachenpuls? Nein, nein, warum? Was? Warum kann Lucario Drachenpuls? Die Aura-Sphäre? Sein Spezialgriff sollte nicht so hoch sein, oder? Eventuell könnte das Lucario zu einem Problem werden. Das Lucario ist ein Problem. Ähm. Ähm. Komm schauen, überlebe es nicht. Yes! Ich wollte gerade sagen, wenn es den Angriff überlebt, werden wir, äh... Wahrscheinlich Entscheidungen treffen müssen, von denen ich nicht begeistert bin. Oh, und sein stärkstes Pokémon ist ein Pidifass. Hä, 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 hä. Äh, ich würde sagen, wir heilen Strammermax an der Stelle einfach mal eben. Ich wollte gerade sagen, wir wechseln einfach jetzt zappel viel rein, aber... Wir haben auch nur eine Heilung übrig für diesen Kampf. Auf Strammermax meine ich natürlich. Nur Zwirri hat bisher eine gebraucht. Ich habe das Gefühl, dieses Pidifass hat nicht wirklich irgendwelche Angriffe. Ist ein bisschen traurig. Aber okay, erleichtert mein Leben. Auch wenn ich natürlich noch gerne ein bisschen mehr, äh, Psychokinese-APs aufbehalten würde, aber... Ha, ich kann nicht viel anderes machen. Hör auf, den Fluch einzusetzen. Ich glaube, ich werde einfach danach, äh, jetzt noch schnell eine Eisenforst oder sowas machen. Ich meine, natürlich ein Sternhieb. Natürlich geht der neben. Bei den Check von Bidifass. Oh mein Gott. Wir haben ein Problem. Wir haben ein gewaltiges Problem. Okay, Eisenachbär. Oh mein Gott. Diese Spidifass hat mir gerade große Angst eingejagt. Dieser Angriff war so viel stärker, als er sein sollte. Bringen wir es zu Ende. Ich habe Bidifass... Ich habe Bidifass zu lange unterschätzt. Es muss weg. Habe den Bodycheck gesehen? Oh Gott, jetzt kommt die, äh, Top-Genesung, oder? Oh mein Gott, der Gegner neben. Yes! Top-Genesung. Aber es ist okay, seine Spezialverteilung ist um eine Stufe gesunken. Oh mein Gott. Level 59 Bidifass. Ich dachte nicht, dass es zu Problem werden könnte, aber... Dieser Bodycheck. Der hat es in sich. Volltreffer. Okay. Erdbeben. Oh, Strammermax ist schneller. Okay. Oh mein Gott. Das war erschreckend. Oh, und das, ähm... Ich meine, das ist die Cognito, ähm... Sternheb, denke ich. Da, um das mache ich mir jetzt gerade nicht allzu viele Sorgen, muss ich ehrlich gestehen. Und es ist besiegt. Und mein Angriff steigt auch noch an. Oh Gott. Bidifass hätte fast, äh... Zelfast, Strammermax besiegt. Glückwunsch, dass du die Top-4 geschlagen. Das heißt aber nicht, dass du mit der Pokémon-Liga fertig bist. Es gibt noch den Champ. Sehr gewarnt. Unser Champ ist viel stärker als die Top-4. Na dann, geh euch in die Tür. Und, äh, um den letzten Kampf zu bestreiten. Der letzte Kampf wird bestritten. Und ich habe ein bisschen Angst, davor muss ich gestehen. Aber wir fangen mit Zappelfill an. Und der sollte erstmal... Er soll ein bisschen, äh, Kollateralschaden austeilen können. Wir haben noch kein Pokémon verloren bisher. Das ist ziemlich gut. Mal schauen, ob es noch so bleiben wird. Das Problem ist nicht, wenn tatsächlich gefährliches Pokémon kommt, dann... haben wir ein Problem. Gute Sache war nur, dass bisher nicht wirklich welche kamen. Ich meine, ein paar... Slatias war ja nicht, äh... Von schlechten Eltern. Ich mag, dass hier alles so mit Würfeln ist. Wie geht's voran? Danke für alles am Kraterberg. Ich fahre alles in der Zerrwelt. Oh, das Lied. Ich bin dir äußerst dankbar. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Auch die härtesten waren für euch kein Problem. Das bedeutet, dass du auch über die eigene Schwäche triumphiert hast. Die Fähigkeit, die du erlernt hast. Ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet. Lass uns kämpfen. Deshalb bist du auch hier, oder? Als Schärm der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an. Schon wieder, Jasmine. Okay. Sechs Pokémon. Alle auf einem sehr hohen Level. Hervorragender Anfang. Hervorragender Anfang. Oh, das Lied. Erdbeben! Der Seher könnte problematisch werden, aber... Vorerst haben wir uns um Shirachi gekümmert. Und ich denke nicht, dass es das Erdbeben überleben wird. Denn komm schon, es ist ein Erdbeben von Zappelfil. Dann wiederum, es nimmt echt nicht viel Schade. Es hat super viele KP. Das hat das Erdbeben überlebt. Aber die gute Sache ist, vielleicht können wir Cynthia direkt dazu baiten, ein paar ihre Heilungen zu verwenden. Ich weiß nicht, wie viele sie hat. Sie hat auf jeden Fall eine verwendet. Oh mein Gott. Das hat so viel KP. Wie kann es ein Erdbeben von Zappelfil überleben? Das können normalerweise keine Stahl-Pokémon. Erdanziehung. Die Erdanziehung wurde verstärkt. Ah ja, okay. Ich stehe. Und wir haben es besiegt! Nur noch 5 Pokémon! Nur noch 5! Level 54 für Zappelfil die vollen 200 KP. Und da ist der Seher. Wie viel Schaden macht das? Gar nicht mal so wenig. Oh Gott, nein! Was machen wir gegen Panferno? Ich denke, wir brauchen einen Zwirry. Alle anderen scheinen, äh... nur bedingt optimal dagegen zu sein. Machen Kampfangriff. Yes! Ehrlicht wird keine Wirkung auf der Panferno haben, schätze ich. Oh Gott, wie viel macht Flammenblitz? Damit verletzt es sich aber auch selbst. Ah, Flammenblitz von Panferno ist brandgefährlich. Dunkelklaue. Okay, das war die Hälfte. Damit kommen wir das nochmal hin. Das Problem ist, ich glaube, nein. Das wird nämlich jetzt die ganze Zeit Flammenblitz spammen. Und das ist unsere eine Heilung, die wir für Zwirry übrig haben. Mach was anderes als Flammenblitz. Yes! Oh, nein! Das ist nicht gut. Level 60. Oh Gott. Ich dachte, der stärkste Punkt war auf Level 59. Nicht Level 60. Ich meine, das ist kein Tornupto. Oh! Nein, können wir das bitte nicht machen? Nein, dem Sperre. Charmant. Und Fußstrahl. Denn wenn wir auch einen Dämon dazu bekommen, sich vor Verfügung selbst zu verletzen, wird das mein Leben erleichtern. Surfer? Schon. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht keinen Spezialangriff hat, den es als Folge seiner Ränkelschmiede einsetzen kann. Und das ist die einzige Hoffnung, die uns aktuell bleibt. Larker. Oh, mein Gott, nein. Eventuell ist das das Ende. Eventuell ist das das Ende. Sitzbank, komm schon. Häng dich rein. Sitzbank. Sitzbank! Sitzbank! Oh, nein. Ich glaube, das ist das Ende. Ich glaube, Initiative 103, 64, 126. Lustzappel, Phil. Oh, Moment. Könnte ich nicht vielleicht irgendwas anderes beten? Sebastian, nein. Wir opfern Boa. Es tut mir leid. Wir müssen, wir müssen, äh, was anderes versuchen. Könnte ich einen Dämon dazu bringen, einen anderen Angriff zu machen? Als Flammenwurf. Folgende Situation. Danke, Boa, für deine Dienste. Äh, wir schicken Olive raus. Und im Kampf gegen Olive wird er keinen Flammenwurf machen. Was mache ich dann? Ich kann ihn trotzdem nicht angreifen. Ich glaube, was ich gerade gemacht habe, war einfach nur eine Runde, um meine Pokémon zu töten. Ich glaube, es gibt nichts, was ich machen kann. Ich bin ja scha. Das hätte auf jeden Fall was anderes eingesetzt. Das hätte mir halt trotzdem nichts gebracht, auch wenn ich jetzt rausgewechselt hätte. Danke, Olive. Äh, Zappel, Phil, so unser schnellstes Pokémon. Wenn Zappel, Phil, nicht schnell genug ist, sind wir raus. Oh, mein Gott. Es ist schnell genug. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist Panferno. Panferno wird Flammenblitz machen. Mach einfach ihr ableben. Das Problem, das wird auch Zwirri nicht überleben. Komm schon, Zappel, Phil. Häng dich rein. Nein. Nein. Gott. Das war nicht clever. Zwirri, los. Das Panferno ist halt kein gutes Pokémon. Und Dunkelklaue. Topgenesung. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Wir werden zweimal zu Dunkelklaue kommen. Und das sollte ausreichen, um Panferno auszuschalten. Komm schon. Da ist der Flammenblitz. Jetzt wird sich sehr viel Schaden selbst zufügen. Und dann kommt meine Dunkelklaue, die hoffentlich... Oh, die Dunkelklaue wird reichen. Die Dunkelklaue wird reichen. Los. Komm schon. Komm schon. Nein. Ich kann nichts machen. Egal. Es sollte es nicht überleben. Es sollte beide mit in den Tod reißen, dieser Flammenblitz. Oh, mein Gott. Das ist halt die Sache. Ich kann gegen dieses Panferno... Ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, weil es einfach so stark ist mit dem Flammenblitz. Okay. Noch ein Pokémon. Stremmer, Max. Wie viel haben wir vor uns? Drei. Mal Cargo. Hervorragend. Cargo sollten wir direkt mit dem Erdbeben plätten können. Das ist eine doppelte Schwäche. Beziehungsweise vierfach Schwäche. Oder vierfach effektiv. Was auch immer. Komm schon. Komm schon. Yes! Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei Pokémon. Noch zwei Pokémon. Staraptor. Staraptor ist nicht gut. Sternhieb. Ich hätte Eisenabwehr machen müssen. Oh Gott. Schau mal, Max sollte aber noch eine Heilung übrig haben, oder? Ich glaube, Schau mal, Max hat noch eine Heilung. Ich sollte nur Sitzbank und der Zwirri geheilt haben. Komm schon. Vielleicht reicht das. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Eisenabwehr. Wir müssen versuchen, noch unsere Verteidigung zu erhöhen. Bevor wir unsere letzte Heilung entgegennehmen. Und ich vermute, es ist unsere letzte Heilung. Ups. Ich habe wieder auf den Zugklappenknopf gedrückt. Okay. Unsere Heilung. Wenigstens sollte der Stremmer Max den Nahkampfangriff jetzt ziemlich gut wegstecken können. Es macht einfach immer weiter Nahkampf. Aber was sollte es auch sonst einsetzen? Okay. Verteidigung ist so niedrig. Voll eine Sache. Ähm. Sternhieb hat keine 100er Trefferquote. Das heißt, ich vertraue dem Ganzen nicht. Wir machen lieber Psychokinese. Aber es sollte keinen Nahkampf mehr übrig. Ups. 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 Okay. Das letzte Pokémon. Wer ist unser Finale? Schnurrgast. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so in die Ecke gedrängt worden zu sein. Ich würde sagen, Sternhieb. Oh Gott. Nein. 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 Okay. Oh nein. Oh nein. Stauber Max, bitte. Es ist so wichtig wie noch nie zuvor, dass du jetzt angreifst. Stauber Max, bleib bei uns. Stauber Max, nein. 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 Nein, 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 nein. Du kannst es jetzt nicht hier dran scheitern lassen. Hyperheiler. Hyperheiler. Wie gesagt, äh, KP-Heilungen darf ich nur eine pro Pokémon machen. Hyperheiler zählt nicht dazu. Oh Gott. Ich rate, ich bin direkt wieder paralysiert. Nein. Sternhieb. Warum bist du schneller als ich? Oh. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das sollte es nicht überleben können. Oh mein Gott, ein Volltreffer. Oh mein Gott. Oh Gott, diese Finale. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer. Jetzt bist du bereits der stärkste aller Trainer. Du bist unser neuster Champ. Oh mein Gott. Das war ein auszeichneter Kampf. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die stärkste Pokémon optimal ausgespielt. Toll. Du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Deine Pokémon können mit dir an der Seite alle Hindernisse überwinden. Diesen Eindruck habe ich bei uns im Kampf gewonnen. Ich bin stolz bei der Krönung des neuen Champs von Sinn und dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug. Natürlich könnte man sagen, ich könnte jetzt Wort drüber verlieren mit Oh nein, wir haben alle Pokémon verloren bis auf Strabamax. Wisst ihr was? Das ist alles, das ist das Letzte, was wir machen. Jeder, der hier angetragen wird, wird in meinem Herzen auf ewig weiterleben. Denn unser Team hat es geschafft. Auch wenn am Ende nur noch eine AKP übrig hatte, aber wir haben es geschafft. Der Raum dort drüben, das ist die Rummishalle. Ob ihr männlich, dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, guten Tag, Professor Eibe. Hm, ein Kind, dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kommt so weit, dass es selbstverständlich ist, dass ich der Zeuge seines Rums sein möchte. Ob ihr männlich, ich sollte dich nicht mehr künden, denn du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kindern in ihre Forschungen bringen, nicht wahr? Ob ihr männlich, hier entlang bitte? Professor Eibe, kommen Sie bitte auch mit. Okay. Auf diesen Moment haben wir gewartet. Oh mein Gott, dieser Kampf. Lange ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Zuletzt war ich in diesem Raum, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch so ein gutes Weilchen her. MP Männlich, willkommen in der Ruhmeshalle. Ah, ah, Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerungen an eure bisherigen Abenteuer. Wir werden nun eure Namen eintragen. Deinen und die deiner Pokémon. Vergiss nicht, deine Pokémon sind deine Partner. Zusammen seid ihr zahlreichen Kämpfen, zu denen herangewachsen, was ihr seid. Diese Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaften vor. Oh mein Gott. Yes, Zappelfill. Was für ein Monster. Ich meine, Boa hat... Ich habe keine Ahnung, was Boa gemacht hat. Strammer mag es der Letzte überlebende. Und das wird so wenig Kaffee. Oh yeah, wir hatten Oliwe dabei. Oliwe hat auf jeden Fall geholfen. Mehr oder weniger Sitzbank. Es tut mir leid, dass es so gelaufen ist, aber... Oh, was hätte ich denn machen sollen? Zwicky. Wir hatten ihn leider nur am Ende dabei, aber ich denke, Zwicky ist schwer in Ordnung. Und das war unser Team, das die Top 4 besiegt hat in 41 Stunden und 30 Minuten. Oh mein Gott. Das ist eine Menge Spielzeit, die ich an den Tag gelegt habe. Und... Oh, wir haben es geschafft. Gott, als dieses Hundemann zweimal seinen Spezialangriff stark gesteigert hat. Oh mein Gott. Ich hätte übrigens nie gedacht, dass Zappelfill schneller sein wird. Ich denke, seinen Namen hat es nicht umsonst. Ich hätte nie gedacht, dass es schneller sein könnte als das Hundemann. Und wenn das nicht glücklicherweise der Fall gewesen wäre, hätten wir schlicht und ergreifend verloren. Es hätte nichts gegeben, was wir dagegen tun können. Ich denke, die einzige Fehlentscheidung, die ich so weit getroffen habe, war wahrscheinlich, dass ich dann Boa und Olive rausgeschickt habe. Aber im Endeffekt ist halt auch... Keine Ahnung, ich wollte ein bisschen Zeit raus holen. Es hätte auch so oder so nicht wirklich was gerne. Ich hatte eh keine Puppe und keine Heilung und mehr übrig. Oh Gott. Zweri hat sich für unser Bull geopfert. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Randomizer-Nazelok-Challenge. Zuerst dachte ich, die Top 4 könnten zu leicht sein. Und am Ende... Ich weiß nicht, ob wir jemals so ein knappes Finale hatten. Mein Gott. Ich kann nicht sagen, dass aus Halt Gold das Finale war nicht mal fast so knapp. Puh. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Pokémon Platin in der Randomizer-Nazelok-Challenge. Die Videoreihe hat für gut einen Monat ungefähr meine gesamte Zeit in Anspruch genommen. Es war relativ viel Arbeit, die Videos hinzubekommen. Aber ich hatte viel Spaß dabei. Und wir haben es geschafft. Ich bin froh darüber, wie es gelaufen ist im Endeffekt. Und wir haben überlebt. Ganz knapp. Und das ist das beste Finale, das wir uns sehr wünschen könnten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und... Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.